Moin Leute, da melde ich mich mit dem ersten Teil Multikriminalität, Multikriminell. Ja, das ist jetzt so ein Erzählstrang, der findet zwischen den Milieus so ein bisschen statt. Ja, noch im Rechtsextremismus, die Übergangsphase zum Rockerclub und so weiter. Deswegen wusste ich nicht ganz genau, wie ich die Storys einbauen soll, aber es ist wichtig, um euch das zu zeigen, was so nebenbei passiert. Wenn ich sage nebenbei, da sagen Leute, ja, okay, das ist Schwerstkriminalität, aber so fühlte es sich nicht mehr an. Und ich möchte euch hier erzählen, womit ich noch nebenbei meine Hände drin hatte, beziehungsweise womit wir versucht haben, Geld zu verdienen und womit wir nachher auch wirklich Geld verdient haben. Ein ganz klassischer Einstieg, glaube ich, für viele ist irgendwie, die dann so ein bisschen pumpen, Gewalterfahrung haben, sich geprügelt haben beim Fußball, im Extremismus, sonst was. Ja, jetzt einen auf Obermotz machen, ja, ihr wisst ja, drei Meter breit, drei Meter groß, ja, ich bin jetzt hier der beschissene King Kong. Dass die dann irgendwann oft bei der Türsteherei landen, ja, das ist so ganz speziell noch. Ich glaube, besonders auch in den 90ern und in den 2000ern war das noch besonders, war Türsteherei noch eine riesengroße Milieusache. Heute dreht sich das Gott sei Dank, ja, da ist auch der Staat mehr hinterher, der Zoll, die Cops und so weiter und auch die Betreiber, dass sie seriöse Firmen nehmen. Kann ich auch jedem nur empfehlen, stellt seriöse Firmen an die Tür für Veranstaltungen und so weiter, die dann auch Hand in Hand arbeiten mit staatlichen Kräften, mit Leuten, wie ich es war, mit denen das bringt nichts, das verschreckt Leute und ihr werdet sehen, was ich da dann erlebt habe. Also, geht der erste Teil, geht dann jetzt auch um die Türsteherei, ja, was ich dort erlebt habe, das ist dann, das gehört so mit dazu, um dieses aufzubauen, das ist wieder eine Spirale der Gewalt, eine Spirale der Kriminalität, weil ich habe ganz, ganz selten erlebt, habe ich das überhaupt erlebt, dass irgendjemand als gleich Supergangster angefangen hat, ja, das ist glaube ich was fürs Fernsehen, ja, jeder macht irgendwo so erst seine kleinen Schritte und dann fängt man an zu gehen, zu laufen, und nachher kann man dann mal springen und dann wird es natürlich alles immer intensiver. Ich glaube, das habe ich ganz gut erzählt, ne, ganz sehr bildlich. Na gut, okay, Türsteherei. Jetzt, die ersten Gehversuche in der Türsteherei waren noch zu Zeiten des Rechtsextremismus. Es war dann ja so, in einer anderen Serie hatte ich schon mal zwei Brüder erwähnt aus Wismar, die so ein bisschen versucht hatten, so mit Türsteherei ihr Geld zu verdienen, die hatten so ein, zwei Türen, ja, wo sie dann da mal zwei Leute, da mal drei Leute hingestellt haben oder auf irgendeinem Dorffest und so weiter und beide wollten davon leben und so weiter. War alles, war glaube ich so, zu dem Zeitpunkt waren das schon so zwei so kleine Namen, aber, ja, ist nie über irgendwie, ja, Mini-Kriminalität oder Mini-Einfluss drüber hinweggekommen. Die hatten dann eine Türsteherfirma betrieben, auch mehr schlecht als recht. Und natürlich war das auch so, oder das ist oft so, der Job an der Tür ist sehr, sehr undankbar. Ich glaube, das können einige hier auch gerne drunter mal kommentieren, ja, Hashtag undankbar. Das ist ein schlecht bezahlter, undankbarer Job mit ekelhaften Arbeitszeiten, mit vielen, vielen Menschen, die am Frust rauslassen, am Türsteher, an den Türsteherinnen. Das ist wirklich nicht einfach und er ist halt beschissen bezahlt. Obwohl die Türsteher, Männer und Frauen, dafür sorgen, dass ein gewisses Klientel, dass eine gute Stimmung sein soll, dass nicht zu viele Frauen, nicht zu viele Männer, oder gibt es zu für Frauen an anderen Klubs, na gut, ähm, ja, jetzt muss ich wieder Tritt fassen, Fuß fassen. Ja, eine Ausgewungert, wer ist zu betrunken, wer sieht nach Agro aus und so weiter. Da ist schon viel Verantwortung und wird dann aber schlecht bezahlt. Und natürlich dann jetzt noch, wir sind in Wismar, und wir sind jetzt ungefähr im Jahr 2007, 2006, 2007, haben mit der Kameradschaft Wehrwolf, haben uns einen Namen erarbeitet, ja, Gewalttäter, immer wieder Gewalt, wir lassen uns nichts bieten, ja, wer sich mit uns anlegt, auch wenn wir verlieren, schlagen wir am nächsten Tag zurück, schlagen mit mehr Manpower zurück, schlagen mit Waffen zurück, und wir lassen uns nichts gefallen, ja. Ja, ähm, immer wieder gab es dann zwar so die Zwischentöne so dahinter und sagt so, ja, mhm, scheiße, scheiß auf die und so weiter. Wenn man dann gegenüberstand, dann war dieses Scheiß auf die, war dann immer, äh, nicht mehr vorhanden, sondern dann wurde langsam genetzt, wir haben gesagt, okay, die Jungs, die kann man gebrauchen, ja, ähm, wenn es Ärger gibt. Und so ist es dann auch gekommen, weil es schlecht bezahlt wurde. Ich sag mal so, was war, was war so Stani-Bezahlung für irgendwie ein Dorffest-Türsteherei, wenn es ein Zehner-Cash gab oder so, dann wurden einige, glaube ich, schon ganz gut bezahlt. Ähm, ich hab mich jetzt mit dem Zehner nicht ködern lassen. Ähm, da ich aber die Kameradschaft Wehrwolf geführt habe, sind diese Brüder dann oft, die sind mal auch zu uns in den Wehrwolf-Club gekommen, in den ersten, ja, und haben dann mal abgehangen, haben dann mal ein Alster mitgetrunken oder sonst was. Und, ähm, wenn sie dann immer halt mal Manpower braucht, ja, wenn sie mal eine größere Veranstaltung bekommen haben, so als Subunternehmer, und sie mussten mal sieben, acht, neun, zehn, äh, sozusagen, Doorman stellen, ja, oder, ähm, ja, Direkt-Türsteher oder, was weiß ich, so, 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 von Parkplatzeinweiser bis hin am Festzelt stehen, ja, ganz unterschiedlich. Und das war natürlich immer nicht ganz einfach. Man wollte, man wollte jemanden bekommen, der am besten körperlich beeindruckend aussieht, der, äh, eine ruhige Art hat, aber wenn es hart auf hart kommt, dass er dann auch hart durchgreift. Ja, diese Leute wachsen nicht an den Bäumen und, ähm, lassen sich mit Sicherheit nicht mit 10 Euro ködern. Für uns war das aber so, ähm, besonders im Wehrwolf-Club war es dann natürlich, gab es oft finanzielle Probleme bei vielen der Mitglieder, die angewiesen waren auf Hartz IV oder das auch ausgenutzt haben, ja, und für die war das nach natürlich ein gewünschter, äh, ja, Zuverdienst, den sie dann in der Türsteherei bekommen haben. Für mich selber muss ich dazu sagen, ich selber hatte keine finanziellen Probleme, ich habe sogar gut verdient und das, was die wenigsten, äh, immer zugeben, ist ja, wenn man, wenn ich jetzt so Dokus sehe über Türsteher und dann fragen ja hier so, dann fragen diese großen YouTube-Kanäle ja immer, ja, machst du das, das, äh, machst du das, weil du, äh, geile, geile Frauen abkriegst oder machst du das, weil das dein Ego streichelt oder weil du hier Macht ausüben kannst, dann sagen die immer alle, nein, Zuverdienst, ich will meine Familie ernähren und ich will dies und, äh, ich will nur für Sicherheit sorgen, das ist so, mir, äh, scheiß drauf. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe das gemacht, nichts ist Geld, deswegen, ob ich da jetzt mal 15 Euro die Stunde von denen kriege und mich da mir die Nacht um die Ohren schlage und am Ende des Tages habe ich 90 Euro, war mir scheißegal, ja, soll nicht, ja, war jetzt, das habe ich, da habe ich fünf CDs verkauft, habe das gleiche Geld verdient und habe das in drei Minuten gemacht. Aber bei mir war das so, ja, das war so eine Art Machtposition, ja, jetzt so als Türsteher, so an der Tür stehen und so, ganz wichtig bei Veranstaltungen so, nee, du, nee, ich komme, du bist zu betrunken, hau ab, Alter. Ähm, und dann, dass die Frauen so ankommen, ja, das war so ein Ego-Streicheln bei mir. Und das sage ich jetzt mal ganz ehrlich und da können auch andere Leute aus der Türsteher-Business jemand drunter schreiben oder darf sich gerne jemand, der lange in der Türsteherei war, darf sich gerne melden auf diesem Kanal und darf seine Geschichten erzählen oder wie er das empfunden hat. Ja, also für mich war das einfach so, es war eine Ego-Sache, das Ego-Wort gestreichelt und man fühlte sich cool so dabei, ja. Dann so losgefahren, man fährt ja dann auch so in seiner Truppe los, so ein VW-Bus, sieben, acht Leute drin, alle ganz wichtig schwarz gekleidet, Security hinten der Name drauf, ja, ähm, packt sich dann so seine Handschuhe so hinten in die Jeans rein. Es tut mir leid, dass ich dabei so lachen muss, aber es ist so, weißt du, wenn ich so heute so Bilder sehe, dann bin ich so peinlich berührt, ja. Dann denke ich mir so, meine Güte, wie, ja, haben mich die Leute auch so angeguckt, wie ich heute diese Leute angucke, ja. Also muss man das dann so darstellen und man geht ja auch ganz anders, dass man geht ganz arrogant, man setzt so einen Blick auf, ja, nicht ansprechen, ich bin hier wichtig aus dem Weg, so, ja, man geht da zu zwei, zu dritt, zu vier, zu durch und, äh, ja, das ist heute schon sehr unangenehm. Aber das macht was mit einem, ja, ist wieder Gruppengefühl, also, auch das darf man nicht unterschätzen, auch die Türsteherfirmen, gewisse Firmen sind sowas wie eine Art, das ist ein Milieu, ja, das Türsteher-Milieu. Das hat damit zu tun, weil natürlich, wer die Tür vorne kontrolliert, kann sehr viel im Laden kontrollieren. Wen lassen sie rein, auch Türsteher, die selber Drogen verticken oder ihre eigenen Läufer drin haben, ja. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, um Geld zu bescheißen als Türsteher, ja. Kann ich jetzt hier mal vielleicht zwei, drei Tricks, soll ich die schon raushauen, was sagt ihr? Ja, okay, also, was weiß ich. Auf einem Festival, auf einem kleinen Festival, wenn so eine Dorfbums irgendwie so, ähm, die lassen dann nicht extra so Bändchen drucken, ja, wo drauf steht hier Dorfbums, ähm, an der Mühle oder so, sondern die holen sich irgendwie gelbe, pinke, rote Bändchen und so weiter. Das weiß man vorher natürlich nicht. Aber jetzt als gewiefter Türsteher oder so, fährt man vorher los oder bestellt die und bestellt alle möglichen Farben, ja, bestellt sich alle möglichen Farben hundertmal, legt die sich ins Auto und, äh, wenn dann Leute kommen, kann man die Bändchen so verkaufen und verkauft 10, 20 Bändchen so noch nebenbei an der Tür, gibt die Bekannten, verkauft die zum halben Preis und, äh, wertet natürlich so seine, seinen Stundenlohn auf. Das haben wir ganz, ganz viel gemacht oder, ähm, Stempel, Leute durchgelassen, Gruppen gesagt, okay, komm, äh, gibt einen Dreißsieger, dann könnt ihr 5, 6 hier durch. Also, da gibt es ganz, ganz viele Tricks und, ähm, da kann man da auch mit Geld finden. Deswegen geht es gar nicht so oft so um den Stundenlohn, sondern das Drumherum macht es viel, ja. Kann ja der eine oder andere auch mal erzählen, welche Tricks sie gemacht haben. Es gibt den Griff in die Kasse, es gibt Absprachen mit Bardam, mit Eintritt, was weiß ich. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die sich Provisionen zahlen lassen, wenn sie jemanden verticken lassen, Verstecke machen und so weiter. Also, da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Für mich war es auf jeden Fall so die ersten Male los, tolles Gruppengefühl. Ich hatte das Gruppengefühl sowieso so von Werwolf, aber jetzt noch mal mit anderen Leuten unterwegs, die so ein bisschen nach Milieu gerochen haben, obwohl die nichts gemacht haben. Außer vielleicht mal 3 Stangen Zigaretten zu verticken am Wochenende oder so. Aber sie haben es vorgespielt, ja. Haben dann so ab und zu auch mal so von so weltweit agierenden Rockerclubs so ein Support-T-Shirt getragen. Das war dann für mich auch schon so, ah, krass, warum die das her, ja. Bin ich natürlich nicht drauf gekommen, dass man das bestellen kann irgendwie, ja. Sagt was über meine Geisteshaltung damals und so aus. Ich hab gedacht, das ist was ganz Besonderes, ja. Ja, und, ähm, also wieder Gruppengefühl, auch zu dieser Türsteher dazugehören. Man fühlt sich wichtig, fährt, lernt neue Leute kennen. Und das fand ich dann schon so, das fand ich dann schon so richtig gut. Und, ähm, hier tritt dann jetzt auch wieder, ähm, der Danilo rein. Der Danilo hatte schon in vorherigen Serien auf diesem Kanal mal eine Rolle gespielt. Der, ähm, zum Danilo nochmal kurz, der war, äh, sowas wie die rechte Hand vom Paten von, äh, Rostock. Ähm, selber sehr umtriebig, gerade aus dem Gefängnis raus, ähm, in seiner Bewährungszeit und im offenen Vollzug dann als Rettungssanitäter unterwegs. Und, ähm, im Autohandel, Autoschiebereien, alles möglich, wo man Geld verdienen kann. Und war natürlich auch in der Türsteherei-Szene unterwegs, der dann relativ schnell das auch mitbekommen hat, okay, ähm, das mit den anderen, das war mal so ganz sporadisch. Und wenn die da 10, 12 Euro bezahlt haben, ah, das war denen nix. Das war auch einer, der von Anfang an so Potenzial gesehen hat, okay, wenn die aus dem Rechtsextremismus rausgehen, ja, die können da schon was bewegen. In dem Fahrwasser schwimme ich mit oder wir schwimmen so nebeneinander. Ich will nicht sagen, dass wir so vorausgeschwimmen sind, sondern eher so hinterher. Das war schon sehr parallel, hat auf jeden Fall gesehen, okay, die Jungs kann man auch nutzen für Macht, für Gewalt, für Geschäfte und so weiter. Und, äh, ja, so ist das dann auch gekommen, dass ich dann mit diesen beiden Brüdern, das hat immer nicht geklappt, die Firma wurde dann nachher auch zugemacht, an jemand anderes übergeben. Mit denen haben wir uns dann nicht so gut verstanden, haben wir auch gesagt, scheiß drauf. Und dann sind wir relativ schnell dazu gekommen, dass mein Partner, der Mike, den ihr aus den vorherigen, äh, Serien ja kennt, den ich kennengelernt habe, der gerade aus dem Knast raus ist, mit dem ich die Rotlicht-Apartment aufgemacht habe und so weiter, dass ich mit dem angefangen habe, mit der Türsteherei. Das war ein langer Weg da jetzt hin, aber nur damit ihr so ein Verständnis dafür bekommt, wie die Serien so jetzt miteinander verknüpft sind. Ich weiß, es sind sehr, sehr viele Teile, aber nachher werdet ihr sehen. Ich male so an allen Ecken und nachher, wenn die Playlists fertig sind, dann ist das eine komplette Story. Und wenn nicht, dann fangen wir halt von vorne an. So, also, ähm, der Danilo ist dann so, also im Rotlicht-Milieu, habt ihr ja mitbekommen, es wurde das große Geld versprochen. Das Geld war nicht so zu verdienen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und von daher mussten wir so ein bisschen nebenbei Geschäfte machen. Die Türsteherei kam uns da sehr entgegen. Der Danilo war beteiligt an einer Firma, die in Schwerin aktiv war, auch in Potsdam und so weiter, die auch größere Events am Start hatte, ja, also die, ähm, sowas wie, äh, große Goa-Veranstaltungen, irgendwas mit Indian Summer Spirit oder irgendwie sowas und was weiß ich, was es da so gibt. Ja, große Veranstaltungen, zwei, drei feste Türen an Diskotheken, ähm, Sommerveranstaltungen und so weiter. Und der ist halt auf mich und Mike zugekommen. Äh, Mike und Danilo waren jetzt nicht so unbedingt, die waren eher so, ja, äh, äh, der eine hat über den anderen gelästert, wenn sie sich nicht gesehen haben, wenn sie sich getroffen haben, haben sie sich das auch oft erst mal ans Gesicht gesagt, was sie voneinander halten, haben irgendwie so zusammengehalten und Geschäfte gemacht, so aus, aus einem, aus einem Grund von gegenseitigem Mehrwert, ja. Das war nie so, dass man eine Wertschätzung hatte, sondern beide haben in dem anderen nur einen Mehrwert gesehen, wie sie an dem verdienen können und so weiter. Auf jeden Fall ging es jetzt los, dass er dann gesagt hat, okay, ähm, hättet ihr nicht Lust, das und das zu machen, bei mir würdet ihr 20 Euro, jeder von euch kriegt den Zwanni die Stunde, wo ich ihm gesagt habe, okay, Zwanni ist schon okay und wenn wir Leute vermitteln, aus dem, aus dem Club, aus unserem Umfeld, aus dem Bereich Kameradschaft Werwolf oder die jetzt auch langsam in den Rockerclub gehen wollten, dass wir dann, ähm, für die irgendwie 15 Euro kriegen, 10 erreichen wir weiter und 5 war für uns, dann muss man sich die Rechnung machen, wir beide kriegen, wenn wir da stehen, was weiß ich, ich sag jetzt mal, 8 Stunden, kriegen jeder von uns 160 und du vermittelst noch 5, 6 Leute und dann machst du 5 mal, 5 mal 8 Stunden, 40 Stunden, ähm, und 40 Stunden mal 5 Euro verdienen, so nochmal 200, dann geht man mit 250 raus in so einem Arm und dann macht das schon Spaß, wenn du nebenbei noch was vertickst oder Eintritt machst, dann geht das auch mal so los, dass du wirklich dann an so einem Arm mit 3, 350, 400 Euro nach Hause gehst und die muss man erstmal verdienen und wir hatten jetzt ja gerade die Kosten aus dem Rotlichtmilieu und so weiter und deswegen haben wir uns dann auch dazu entschlossen. Ich muss dazu sagen, der Mike war jetzt, der hat keinen Alkohol getrunken, ganz wenig, der hat mal ein Alster getrunken, hat keine Drogen konsumiert und so weiter und ich war schon hart am Glas, ja, also das muss man schon sagen, ähm, die Wochenenden waren schon, in der Woche war ich ja mal recht enthaltsam, es sei denn, es lag was an, ja, ähm, Grund findet man ja immer, wenn man das möchte, aber grundsätzlich Alkohol in der Woche ist nicht so mein Ding. Ist natürlich auch stark, wenn man den ganz weglassen kann, ähm, also, äh, genau, ist die beste Entscheidung. Und, ähm, ich war jetzt auch hart am Glas und für mich war dann so die Türsteherei so, ich muss das auch echt sagen, so, nachdem ich so 2-3 Mal mit war und hab gedacht, so mein Ego wurde gestreichelt bei den anderen beiden Brüdern da, das war alles scheiße, scheiß Organisation, Geld hinterherlaufen, die haben auch alles verzockt und so weiter, hat man gleich gemerkt, was das für Pfeifen sind. Aber jetzt war das natürlich der Danilo, der, der hat da, komm, Geld, lass Geld verdienen und so weiter, der hat auch viele Tricks uns dann so gezeigt, ja, der wusste echt, der wusste echt, wie man eine Zitrone so ausquetscht, dass die so, dass, 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 dass eine Trockenfrucht danach ist, ja, also, da war wirklich keine Feuchtigkeit mehr drin, da konnte alles geldmäßig rausquetschen und das fand ich schon sehr beeindruckend, ja. Ich hatte jetzt ja nach diesen, nach diesen Rechtsextremuskeln, nach der Kameradschaft, Werbe, hatte ich ja so irgendwie das Gefühl so, okay, jetzt muss irgendwie, jetzt geht's um Geld, Geld, Macht, Macht, ja, es geht um Geld und Macht, genau. Geld, Macht, Ansehen, ja, wer bin ich, Gesicht, Waren, ja, oder Fame bekommen und so weiter, darum, darum ging das. Und ich war zwar, ja, jetzt wollte ich gerade sagen, ich war motiviert. Ich finde die Türstellerei extremst beschissen. Ich habe gesagt, ich habe mir das Wochenende aufgespart, ich war gerne am Wochenende unterwegs mit den Jungs, feiern, Alkohol, irgendwie zu Partys selber im Sommer unterwegs und so weiter. Und dann jetzt, irgendwie hieß es um 22 Uhr, ja, wir treffen uns am Strand, da ist Strandparty und da kannst du und Mike können da die Türstellerei machen. Ja, Geld, ja, aber irgendwie, boah, Mensch, habe ich irgendwie so, habe ich so irgendwie keinen Bock drauf, ja. Und das war dann oft so, so bis 22 Uhr durchzuhalten, war für mich so echt ein Riesenakt, ja. Die anderen haben sich dann irgendwie 18, 19 Uhr getroffen, haben gefeiert, wollten dann auch zu der Beachparty kommen, weil wir natürlich alle unsere Freunde immer durchgeschleust haben. Wir waren auch so mit die beschissensten Türsteher, die man sich vorstellen kann. Es war uns völlig scheißegal. In Wismar und Raum Wismar haben wir damit gearbeitet, dass die Leute schon wussten, wer wir sind und da reichte es schon die Androhung, okay, Digga, wenn du hier einen Harten machst, Alter, dann kommen wir dich morgen besuchen und dann wirst du dann umgeschlagen, ja. Also so eine typische Angstarbeit und viele waren halt schon abgeschreckt auch von dem, wie wir halt auch ausgesehen haben und das, was man ausgestrahlt hat, ja. Wir waren nicht so die Freundlichen, die so begrüßt haben und so weiter. Ich persönlich muss auch sagen, sobald ich 22 Uhr irgendwo ankam, bin ich der Erste, der sich einen Stuhl gesucht hat, ja, wie in so einem Schuhladen, wenn ich so irgendwie mit irgendjemand einkaufen gehen muss oder so, setze ich mich sofort hin oder so. Und so habe ich das in der Türsteherei, habe ich das dann auch gesucht und da war natürlich dann irgendwie so nicht die Motivation, dass wir Alkohol kontrolliert haben, nicht mit reinnehmen und so weiter. Ja, wir haben fast alles durchgewunken und so ein Veranstalter ist dann auch nicht so zu uns angekommen und hat dann rumgemeckert. Die haben im Nachhinein erst rumgemeckert, aber nur, dass man so eine Arbeitsmoral. Für mich war das schon ab 22 Uhr war ich müde, ich habe um 10.30 Uhr das erste Mal gegähnt und um 12 muss ich schon, muss ich mir schon Streichhölzer in die Augen stecken, um dann einigermaßen, um einigermaßen dann wach zu bleiben. Ja, war nie eine Liebe. Es war eher wirklich so ein Hassgeschäft, aber das Geld hat halt wirklich, hat halt wirklich, wirklich geschmeckt. Wir sind dann als Anekdote so, um diese Türsteherei mal darzustellen. Da gab es so ganz, ganz viele so, also Dorfbums. Ja, da wird dann irgendwie jedes Dorf irgendwie drumherum, so um Wismar, macht dann irgendwie an so einem See, da wird ein Zelt aufgebaut, Bierbude, Bratwurst, irgendwas für Kinder, Süßigkeiten und ein Zelt und da wird dann Roland Kaiser und Helene Fischer rauf und runter gespielt. Und ja, die brauchen dann auch immer, weil dann die Dorfjugend kommt und dann natürlich so ehemalige Skinheads oder Skinhead-Kameraden oder Rechtsextreme oder was weiß ich, Dorfschläger, die dann da alle kommen. Ja, alle sind gut drauf um 18 Uhr, um 20 Uhr yippie ja jo, 22 Uhr, der erste Blick so, ja, da sieht man das schon und um Mitternacht fliegen die Fäuste von allen möglichen Leuten, das muss ich auch mal sagen, von Feuerwehr, Skinheads, Punks, was weiß ich, alles Mögliche, was aufeinander trifft. Kaum Stimmung kippt so schnell und deswegen brauchten die dann auch immer so gewisse Türsteher-Truppen, ja. Und ja, für mich, für mich war das, war das schon eine Erfahrung so, weil ich sonst ja da als Gast war und diesmal war das, muss man da so stehen, man trifft die ganzen Pappenheimer vorher, ja, man ermahnt die schon so völlig von oben herab, so auch Türsteherei gemacht, ja. Und dann waren wir so auf diesem Dorfbums und dann sieht man das, wie ich das immer so sage, Gewalttäter ziehen andere Gewalttäter an. Und wenn wir dann so da waren, ja, dann hat man das so gesehen, so Mitternacht, ja, wenn dann so ein, ja, irgendwie so zwei Meter groß auch, auch so trainiert und spannt so die ganze Zeit so den Bizeps an und spannt so an und dann geht man so irgendwann hin und Mitternacht und sagt, Digga, was ist das, post du hier, brauchst du einen Spiegel oder so für irgendwas, ja. Und dann hat der natürlich auch so seine Päle dabei, zwei, drei so Kumpels dabei und dann kann der nicht zurückweichen und musst du echt so mit vier Mann hin und sagen so, pass auf, weißt du, das könnte jetzt dein Abend werden, ne, der geht dann aber nicht aus mit einem normalen Auto nach Hause und so weiter. Sind dann so Ansprachen, dass die dann auch dementsprechend verstanden werden, was dann meistens auch geklappt hat. Problematisch wird, wird's, wenn Alkohol im Spiel ist und, ähm, ja, auch die Polizei versucht hat, reinzukommen in die nächste Veranstaltung, ähm, auf so einem Dorfbums. Polizei will ich nicht reinlassen und, ähm, zwei, drei der Jungs sind völlig drauf, völlig auf Alkohol, kennen uns eigentlich, machen einen Harten und wollen sich mit uns anlegen und wie das, wie das geendet ist hiermit, das erzähle ich euch im nächsten Teil. Kurze Erklärung, Einstieg, Multikriminell, wir werden über, wir werden über Kreditbetrug, über Goldhandel sprechen mit der italienischen Mafia, Zigeunermafia, ähm, äh, was, was wird alles kommen, ähm, äh, Kunstdiebstahl, ach, ich weiß, ich krieg das jetzt alles gar nicht zusammen, Radiosender, ähm, betrogen, ach, da kommt ganz, ganz viel, also ich hoffe, ihr bleibt dran und die neue Serie gefällt euch auch, lasst einen Daumen da, wenn ihr die neue Serie jetzt schon feiert, lasst einen Daumen runter da, wenn ihr den Kanal generell scheiße findet, macht die Glocke an, dann wisst ihr, wenn es ein neues Video gibt, das ist immer schön, ähm, ganz viele exklusive Inhalte gibt es jetzt immer wieder und exklusive Videos gibt es für die Mitglieder auf diesem Kanal, die Mitglied werden oder die Mitglied bei Patreon sind, das sind einfach die, die das hier ermöglichen, Technik auszubauen, ähm, die Interviews zu machen, durch die Gegend zu fahren, diese Interviews und so weiter und ich, äh, bedanke mich jetzt, ähm, fürs Zuschauen und verbleibe, wie immer, mit einem Ahoi von der Küste. Moin Leute, da melde ich mich mit dem zweiten Teil Multikriminalität, multikriminell, es geht um die Türsteherei, keine Sorge, es wird nicht zu intensiv bei der Türsteherei, ähm, es sind immer wieder die gleichen Geschichten, ich bin hart, nein, bist du nicht, du fliegst raus und wenn du noch, wenn du noch weiter nervst, dann gibt es einen auf den Nuss. Sagen immer viele nicht so, aber das ist ein ganz normales Prozedere, wie es eigentlich läuft, ähm, oder gelaufen ist, ich hoffe, dass es heute andere Wege gibt, aber, ja, wie soll ich sagen, es ist, eines ist sehr schwer, das vielleicht zu erklären, um auch mal die Jungs und Mädels an der Tür in Schutz zu nehmen. Einige betteln um Haue. Es ist wirklich so, ich habe wirklich ganz, ganz viele auch tolerante, ähm, nachsichtige Türsteher kennengelernt, aber im Drogeneinfluss, im Alkoholrausch. Sie werden angespuckt, angetatscht, bedroht, Autos zerkratzt, was, äh, beleidigt, äh, aufgelauert, äh, in Social Media gedisst, angezeigt, dass sie, äh, Frauen diskriminieren, dass sie den diskriminieren mit anderer Hautfarbe und so weiter und so weiter. Es ist nicht so einfach als Türsteher. Es gibt sie, die gewisse, was will ich jetzt, ähm, äh, Araber nicht reinlassen oder Menschen mit dunkler Hautfarbe nicht reinlassen und so weiter. Es gibt das alles, aber nicht grundsätzlich kann man immer, muss man auch mal gucken, okay, was war bei mir los? Bei uns war ganz viel los, wirklich mit, äh, Alkohol und Drogen und schon so eine Grund-Agro-Stimmung, ja, wenn so acht Typen kommen und die kommen schon irgendwie, ich weiß nicht, ich kenne mich in der Autotuner-Szene nicht so aus, machen die einen Wheelie oder wie heißt das? Ja, Wheelies oder du kommst schon so an, vorgefahren, ja, in so einer 30er-Zone, wo der Klub ist und komm da schon mit 150 reingebrettert und, äh, ja, da, 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 da sieht man schon, nein, das wird nichts, Leute. Tut mir leid, der Auftritt ist schon scheiße, ja, also was soll da noch kommen und deswegen ist das alles gar nicht, ist das nicht, ist das wirklich nicht so einfach an der Tür. Okay, also, ähm, immer wieder auf dem Dorfbums, ist nicht meine Welt, scheiß drauf, ich hasse es, ich bin müde, ich hab keinen Bock, mir tun die Füße weh, ich kann sowieso, ich bin sowieso im Stehen nicht, aber sonderlich gut, ich stehe nicht so gerne. Spazieren gehen und so weiter ist nicht so meine Welt. Gehört irgendwie zur Türsteherein mit dazu, zu stehen, an der Tür stehen, Türsteher, ja, erklärt sich von alleine. Habe ich immer keinen Bock drauf, Laune, immer beschissen, die Leute nerven und so weiter und es war jetzt auch nicht so, ich war zu dieser Zeit auch in einer festen Beziehung, wo auch Liebe im Spiel war und dann kam es für mich auch nicht, äh, stand es für mich nicht zur Debatte, diese Frau damals zu betrügen. Deswegen war die Attraktivität irgendwie so an der Tür zu arbeiten und noch zu flirten und so war dann auch nicht gegeben. Ich wollte auch lieber nach Hause, ja, das Herz ruft und so weiter, aber, ähm, ja, Geld muss auch noch irgendwo herkommen, besonders wenn wir betrogen, dann hat es sich gelohnt. Der Danilo dann immer wieder, mich und Mike auch zusammen irgendwo hingestellt, das war mir schon wichtig. Ich stand auch mal des Öfteren auch mal so mit so, mit so Aushilfstürsteherren, soll es nicht so fies klingen, aber, ja, es gibt dann ja auch so welche, die so, so Ordner, ja, also, die kriegen dann so eine gelbe Weste, ja, sind jetzt 30 cm breit und 30 cm hoch und die werden so aufgefüllt und dann mit denen so eine Runde so zu gehen, ja, die gehen dann auch so, als wenn sie, ja, das war dann immer so nicht so meine Welt. Deswegen habe ich immer zu Bedingungen gemacht, so, wenn ich irgendwo hinfahre, stehe ich mit allen meiner Jungs oder ich stehe mit Mike zusammen, alles andere macht für mich keinen Sinn und da habe ich auch keinen Bock drauf. Und, äh, ja, wir wurden, wir wurden schon gebraucht an gewissen Orten, einfach aus, aus dem, aus der Sicht daraus, dass wir Respektspersonen waren. Jetzt war das, jetzt war das so, dass wir, äh, zu einem Dorffest gekommen sind, wo, da ist jemand aufgetreten, der hat hier dieses Lied gehabt, hier, äh, Sternenhimmel, ich weiß nicht, kann ich so gut singen, ja, der kam da, so ein alter Schlagerheini und da hat sich das ganze Dorf gesagt, ja, mega geil und da war angekündigt, okay, hier kommt jetzt echt jeder. Und, äh, da weiß man dann, wie gesagt, Dorffest, Dorfbums, hier wird Alkohol fließen und danach fliegen dann die Fäuste. Okay, wir hin, ähm, und, äh, um die Anekdote gleich zu bringen, muss ich kurz erzählen, was vorher passiert ist. Ich selber bin am Wochenende auch ab und zu, ab und zu los, äh, ganz wenig mal in Diskotheken, wenn dann mal, haben wir vorher irgendwie im Werwolf-Club, haben wir dann noch da Alkohol getrunken, sind ganz selten dann mal in irgendwelche Diskotheken gegangen. Jetzt war ich in der Diskothek und, ähm, das war so, das war dann so irgendwie so drei, vier Monate vorher, wo ich dann noch nicht wieder in der neuen Liebesbeziehung war, sondern, ähm, sozusagen als Single-Mann unterwegs und hab dann in der Diskothek nachts um zwei, halb drei, hab ich, äh, hab ich ganz klischeehaft, ähm, eine Perle aufgerissen, ja, also kann man sich auch so vorstellen, so Anfang, äh, oder, ja, Mitte, Mitte 2000, Mitte der 2000er, sagt man das, 2005 so, 2006 oder so, und, ähm, ja, klischeehaft, wie man sich das auch so vorstellt, der Nancy, äh, der Nancy, ja, ich wollte mir gerade einen anderen Namen ausdenken, ja, jetzt kann ich da sagen, der Nancy, ja, okay, tut mir leid, äh, ich hab jetzt keinen Bock, nochmal von vorne anzufangen. Also, und, äh, verdammt, auf jeden Fall, nein, ich bin nicht so ein Mädchen, ich bin auch nicht so ein Typ, drei Stunden später waren wir bei ihr in der Wohnung und haben Knickknack gemacht. Es war keine olympische Leistung von mir, aber es hat gereicht, dass ich bleiben durfte. Und nächsten Tag wache ich auf und denke mir so, sitze dann beim Kaffee aus so im Wohnzimmer und denkst so, Mensch, was steht denn da oben auf dem Regal? Ja, und dann, ja, das ist, das ist, äh, das ist, äh, das ist mein Bruder. Ich so, ja, dein Bruder, der, der, der hat eine Polizeiuniform an und hier mit Schlagstock, Schild und Helm und so weiter. Wie heißt du denn? Dann hat es mir einen Nachnamen gesagt und dann bin ich fast hinten rübergefallen. Ich sage, das ist so, das ist dein Bruder? Ich sage, der war bei mir vor, der war bei mir vor einem Monat, war der bei einer Hausdurchsuchung dabei. Ich glaube, der wollte sogar meinen Hund erschießen. Ja, also hat die Knarre hingehalten, mein Hund hat an der Knarre geleckt. Und, ja, äh, okay, weil ich habe ja auch nicht im Club, ich habe ja auch nicht nur erzählt, ja, ich bin hier, ich habe eine Hausdurchsuchung und bin hier, bin hier voll wichtig und so. Und dann so, ja, okay, ja, das ist ja lustige Anekdote, so aus ihrer Sicht ist scheißegal. Und ich habe mir gedacht, okay, ne, Brausebrand, habe ich gesagt, okay, Perle geht schon in Ordnung optisch und war ja auch ein ganz nettes Mädchen. Ist egal, was kann die für ihren Bruder, ja, so aus damaliger Sicht, so, ne. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, ist ja spannend. Und dann habe ich so angefangen mit ihr so ein bisschen, ein bisschen Techtelmechsel, haben wir so angefangen, ja, so ganz locker, so nicht so zusammen, ja, ich habe mich immer dann nicht so festnageln lassen, ja, ich bin dann immer sehr, sehr wischiwaschi, so, ja. Und war das auch so, dass sie dann irgendwann, ihr Bruder ist dann auch wirklich von diesem, von diesem, weiß ich, BFE-Einheit oder mobiles Einsatzkommando MEK dann auch im Staatsschutz irgendwie gelandet und war dann ja auch zuständig für mich. Und jetzt war ich mit seiner Schwester zusammen, das ist ja natürlich eine Verbindung, die geht so gar nicht, ja. Und sie hat ihm das dann auch irgendwann so erzählt und, ja, war natürlich so keine Begeisterung, weiß überhaupt, wer das ist und so weiter und Vorstrafen und hier Auszug, hier Auszug, da und was weiß ich und, ja, sie, ist mir doch egal und so weiter. Und haben dann so ein paar Wochen verbracht, ich war dann auch mal bei ihm zu Hause, was so irgendwie so strange war, ja, ich war so bei ihm zu Hause, hab dann so seine Frau kennengelernt und das war irgendwie so strange, ja, eine ganz strange Verbindung, so der, bei dem man Hausversuchung gemacht hat, der eine so macht hier einen auf Gangster und Extremist und ist gegen den Staat und der andere ist so bei der Polizei und so weiter. Also da wurden auch keine Daten ausgetauscht, also ich weiß, immer wieder kommen die Leute so um die Ecke und sagen so, wow, die Polizei hat bestimmt immer zugesteckt, deswegen wurde er immer nicht so verurteilt oder V-Mann, Bulle, was weiß ich, selber eingeschleust und so weiter. Es war einfach nicht so, die Polizei muss die Beweise auch finden und ich habe von der Polizei nie Tipps bekommen. Es ist, oder die zusammengearbeitet haben und so weiter, das kann ich nicht bestätigen. Es gibt ja diese Fälle zur Zeit, aber bei uns war das nicht so. Auf jeden Fall so locker kennengelernt, ich war dann auch mit seiner Schwester so in so einem Kurzurlaub und ja, dann ist das auch wieder auseinandergegangen, weil ich dann ja jemanden kennengelernt habe und war dann wieder frisch verliebt, weil bei dem anderen keine Gefühle gekommen sind. Ja, könnt ihr alle nachvollziehen. Okay. Und das war dann so, dass wir auf diesem Dorfbums dann waren und das ist so ein Phänomen, was ich kennengelernt habe, ist so, dass viele Polizisten, ich weiß ja, viele gucken das hier und auch viele Anwälte und so, also an die Anwälte, ja, geht so, ne, nehmt nicht mal so viel Gebühren und stellt euch dann so als die Retter da, ihr rettet selten. Entschuldigung, ist das, kann ich das drin lassen in dem Video? Ja. Viele Polizisten und auch so Staatsanwälte und so weiter, die wohnen oft sehr dörflich und dann wohnen auch in diesen Dörfern, wohnen dann sehr viele Polizisten immer. Ja, also ich habe Dörfer kennengelernt, wirklich so, was sehe ich, 1000, 1500 Einwohner und davon sind wirklich so 20, 30, 40 Polizisten, Polizistinnen, die dort wohnen, so als wenn die so irgendwie sich absprechen, wo die wohnen, aber das habe ich so kennengelernt, dass die oft so da raus und irgendwie in so eine eigene Community machen, besonders so in dörflichen oder Regionen, so wo ich aktiv war, da war das ganz häufig so und die dann natürlich auch nicht so oft, wenn sie so aktiv sind und ihr Gesicht bekannt ist, ja, jetzt nicht, wenn sie beim SEK sind oder MEK haben sie ja ihr Gesicht verdeckt und dann weiß man auch nicht, wer da ist und so weiter, aber natürlich, wenn man nachher im Staatsschutz oder so aktiv ist, dann muss man ja auch sein Gesicht zeigen, weil da ist man bei der Kripo und die zeigen ja ihr Gesicht dann. Das ist natürlich komisch, wenn du selber irgendwie ein junger Kripo-Beamter bist, bist 28, 30, 35 Jahre alt, gehst du in die Diskotheken, siehst an der Tür schon drei deiner Patienten, ja, die du so beruflich irgendwie verfolgst oder beobachtest und Verfahren gegen hast. In der Disco triffst du die Leute, wo du weißt, die dealen oder die Gewalttaten begehen und so weiter. Ist schon ein kackmulmiges Gefühl, ja, du willst da hin, willst da irgendwie tanzen, willst da mit deiner Frau und wirst dann irgendwie bepöbelt, vielleicht von der Seite angelabert. Ist, glaube ich, sehr schwierig. Kann jemand gerne ja mal hier unterkommentieren. Ist, glaube ich, sehr unangenehm. Habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht bis jetzt hier. Aber das hat natürlich, glaube ich, was, dass man dann auch immer mit einem wachsamen Auge durch die Gegend geht oder dann auch mit dementsprechend Kollegen durch die Gegend geht, oder? Ist das so? Kann ja jemand gerne mal kommentieren. Ja, auf jeden Fall war das jetzt so, wir stehen an der Tür, Mike und ich kommen hin, dieses Zelt aufgebaut, dieser Typ da singt irgendwas hier mit den Sternen. Alle Leute strömen so hin. Es ist ein richtiger Dorfbums, ja. Und dann sehe ich schon so aus der Entfernung, sehe ich hier den Bruder von ihr mit einem anderen Kollegen, den ich kannte, auch vom Staatsschutz. Und beide haben ihre Perlen so dran, so, ne. Ich steinharte Mine, so, ne. Mike und so. Ich sag so, hier da vorne sind die vom Staatsschutz und so, ne. Und wir so, die kommen so an, so zeigen ihr Ticket so vor, ne. Wir sagen so, ja, Frauen, beiden Männer so beiseite, beiden Frauen durch, ne. Und ihr beide, ja, ihr kommt nicht rein. Mit den Turnschuhen kommt ihr hier nicht rein. Wirklich, ganz klischeehaft das so gemacht, so. Mit den beiden Turnschuhen ist nicht, ne. Die so, ist das jetzt ein Witz oder was? Sag ich so, ja, das ist hier eine Veranstaltung, mit den Turnschuhen geht nicht. Muss irgendwie nach Hause fahren, irgendwas anderes anziehen, aber das passt hier nicht zu der Veranstaltung heute. Digga, das auf irgendeiner Wiese, halt, irgendeine Koppel mit dem See dahinter, matschig, dreckig, eigentlich so eine mit Badelatschen gekommen oder barfuß oder so, ja. Also jeder und die so total entgeistert, die beiden Frauen stehen, da wollen das gerne gucken. Drinnen ist schon irgendwie Lichtschuhen, soll gleich losgehen, ja. Riesenparty, voll drauf gefreut und so weiter. Und die beiden stehen da. Ja, was willst du da machen, ja. Also gibt dem kleinen Mann ein bisschen Macht, dann spielt er sie aus. Aber ja, war als Witz, das muss ich auch echt mal sagen. Also wir haben natürlich dann gesagt, ja, sieh zu, sieh reinkommen, so, ne. Aber nicht daneben benehmen, ne. So fliegt ihr raus, ja. Ich muss dazu mal sagen, ich glaube, es können auch viele von der Polizei sagen, die mit mir zu tun hatten. Ich habe die Polizei ja nie so als Gegner angesehen. Das Ding ist so, wenn ich weiß, ich mache kriminelle Dinge, weiß ich, dass die Polizei mein Gegenspieler ist. Ich war aber emotionslos der Polizei gegenüber, weil der Polizeibeamte irgendwie seinen Job macht. Das heißt, den einzelnen Polizeibeamten habe ich nicht gehasst oder habe da ACAB und sonst was rumgegrölt und sonst was, weil ich sie einfach kacke fand. Ich wurde von ganz vielen Polizisten korrekt behandelt, die korrekt waren. Und wenn mich jemand kacke behandelt, habe ich kacke zurückbehandelt. Wenn ich natürlich auch mit kacke losgelegt habe, kommt kacke auch zurück. Das verstehen ja viele, das Prinzip nicht, ja. Also braucht man sich nicht wundern, wenn man irgendwelche kriminellen Dinge macht, dass dann auf einmal die Cops vor der Tür stehen, ja. Dann braucht man auch nicht dann rufen, fass mich nicht so hart an und nimm die Handschellen ab, mir tun die Handgelenke weh. Wenn ich das immer sehe, so von irgendwelchen Rapperidioten oder sonst was, die dann irgendwie so rummeckern, so, die Polizei ist jetzt bei mir und hat meine Tür aufgebrochen und so weiter. Ja, Digga, wenn du dich immer präsentierst mit deiner Plastikpistole und sagst in Videos, ja, wir knallen nachher irgendjemand ab und sonst was und das SEK kommt rein. Erstens willst du nur die scheiß Klicks und dann nicht rumjammern, dass man hart angegriffen wird. Das ist doch gar nichts, was ich immer präsentiere. Also ich kann sagen, ich wurde echt von SEK mal richtig hart gegriffen und Schnee gelegt und so weiter. Da kann man mal ein bisschen jammern und so weiter. Und dann gab es mal auch die Nuss, wo ich auch nicht aufhören wollte, aber dazu kommen wir noch. Also, auf jeden Fall reingelassen, so einen ersten Lacher gehabt, Party läuft und dann kann man das beobachten. Das können ganz viele so aus dieser Türsteherei, glaube ich, erzählen. Man kann das beobachten, man sieht, man sieht, wer nach Ärger ausriecht. Man kann, da sind 500 Leute drin oder so und ich könnte heute noch, kann ich, kann ich auf die Typen einigermaßen zeigen, die nach Ärger riechen. Das ist, da braucht man nur einmal durchgehen, guckst du einmal an, wie sie die Haltung, die Blicke, Klamotte dazu oder sonst was und dann ergibt das ein Komplettpaket. Jetzt sagen Leute einige, das ist ja ein Profiling, das ist ja ein böses Vorurteil. Ja, Leute, das ist aber auch eine Erfahrung. Wenn du nur in deiner Bubble sitzt und du machst alles in Theorie und hast aber noch nie irgendwie mal 50 Mal an der Tür gestanden und musstest dich prügeln und Polizei rufen und Leute auf den Boden drücken, weil sie mit Gläsern, mit Bierkrügen geschlagen haben und so weiter, dann muss man dieses Profiling durchführen, um zu gucken, okay, die haben wir im Blick, da stellen wir schon mal jemanden hin und so weiter. Hier trifft Theorie gegen Realität und das passt oft nicht zusammen. Tut mir leid, ist einfach so. Und da konnte man das ganz genau erkennen, wer hier nach Ärger aussieht und wer nicht. Kannst du aber nicht grundsätzlich alle draußen lassen, weil dann fällt der Veranstalter hinten rüber und sagt, jo, warum sind hier nur 200 Leute drin, hier ist Platz für 500 und wir sagen, ja, 300 haben wir draußen gelassen, weil die nach Ärger riechen. Also da muss man so ein bisschen Kompromiss eingehen. Das war auf jeden Fall dann auch so und das sind so Sprüche, die ich dann so richtig abkahn, ja. Also jeder, jeder Dorf, Hobby, Pumper, Dorf einmal zugehauen, Heini meint ja, er ist eine Nummer, wenn er im Dorf mal, weiß ich nicht, gegen einen Baum gehauen hat mit einer Ohrenfeige oder so. Und dann ist das immer so, als wenn besonders Drogen und Alkohol da so ein Cocktail draus machen, wofür ich ja auch anfällig war, ich will jetzt nicht wieder mit dem Finger nur auf andere zeigen, sondern ich bin da der Oberarsch, was das so angeht, gewesen. Aber dann, wenn wir natürlich nüchtern waren, wenn ein paar Drinks waren natürlich auch im Verhältnis, war das glaube ich relativ nüchtern dann. Und die dann schon so, sich so benehmen und dann so ankommen, ja. Und du siehst so, ja, der Maik auch, 145 Kilo, auch so eine, weiß ich nicht, was weiß ich, Arme wie Baumstämme und wir beide stehen da und dann kommt der und so an und sagt so, ja, ich muss noch raus und ich will dir eine Flasche Schnaps mit reinnehmen, ich bezahle dir nicht, ist mir zu teuer und so weiter. Und du sagst, nee, nimmst du nicht mit rein, Alter. Wenn du jetzt rausgehst, bleibst du sowieso draußen. Weißt du, ist sowieso schon zu doll. Wenn du schon mit so einer frechen Frage kommst, dann kannst du gleich hier, kannst du gleich abdüsen, Alter. Ja, und dann kommt der Spruch, den ich am meisten, den ich am meisten liebe, das ist, weißt du, wer ich bin, Alter. Weißt du, wer ich bin, ist glaube ich so, ist so ein Kriterium für so einen Türsteher, da weiß jeder an der Tür, ja, du bist niemand Wichtiges, weil wenn du wichtig wärst, würde ich dich kennen. Das ist einfach schon so ein K.O.-Satz, wo man dann gleich sagt und sagt, nee, erzähl mal, wer du bist. Ja, und dann lassen sich die Leute ja noch so raus provozieren, so erzähl mal, wer du bist. Ja, ich bin hier. Und dann kommt mein zweitliebster Satz. Ja, also er erzählt dann, er erzählt dann so, was er alles drauf hat. Ja, also, dass er mal als Kind Judo gemacht hat, drei Wochen dann in der Kreisliga Fußball gespielt hat, was weiß ich, und dass er so richtig hart, hart ist, ja, und lässt sich nichts gefallen und besonders nicht so von zwei dahergelaufenen Türstehern, die sich, meinst du jetzt hier mit deinen Muckis oder so und so weiter, bist du jetzt hier ganz hart. Dann kommt der Satz Deluxe, den auch jeder Türsteher oder Türsteherin liebt, das ist, weißt du, wen ich kenne. Da weißt du auch schon, boah, da muss man echt, da muss man echt, ja, viele sagen das schon, Mensch, hau ab, Alter, ruf an, wen du kennst und so weiter. Da gibt es, glaube ich, ein ganz lustiges Video von Michael Kuh irgendwie so, bei YouTube muss man mal reingucken, wo so jemand dann seinen Bruder anruft und sagt, oder der wird angerufen. Aber das sind so Sätze, die haben mich so hart getriggert, ja. Und dann ist es natürlich, waren wir auch so, das muss ich auch sagen, warum man so eine Leute aus dem Milieu und Leute wie uns nicht so als Türsteher nimmt, weil wir natürlich nicht die Deeskalation beherrschen, ja, oder, ähm, sondern wir sowieso frustig drauf, drei, vier Schnaps, stehst, Füße scheiße und dann pöbelt der noch rum, ja, kommt da noch mit seinen Kumpels und fest so an und was ich so auch gar nicht so leiden kann und was viele ja auch nicht sagen können, jeder hat so seinen Mikrokosmos, ja, also ich habe einen Mikrokosmos, der ist mir auch sehr wichtig, da darf dann, da dürfen dann nur die Hunde so mit rein und so meine Partnerin dürfen da mit rein, aber dann vergessen, dass Leute so, wenn es um die Türsteherei geht, die gehen so ganz nah so zu dem Türsteher hin, ja, die wollen so Kopf an Kopf, was sowieso schon mal für den Innenkampf total bescheuert ist, weil es gibt einen Headbutt oder es gibt den Haken nach oben, der gleich Kinn, Zunge und alles K.O. macht und Zähne, ja, aber das ist so Distanz halten, ja, Distanz halten, geh weg, geh weg und dann musst du den schon anfassen. Also er kommt nahe, ja, kommt mit seiner Alkoholfahne nahe ran und du musst schon sagen, so zurück, zurück, ja, und dann, und dann fühlt der, der das da gerade ist, der dann da ankam, ja, so, man muss sich das so vorstellen, so eine Art, ja, nicht Muskelshirt, aber hier so eine, so mit so einem Fauneck runter und hat er so da seine drei, vier Kumpels alle so betrunken und jetzt so auf dem Dorf, jetzt passt denen das nicht, die wollten hier einen Schnaps rein, wir sagen nein und ihr verpisst euch jetzt sowieso hier gleich, hat sich eh erledigt, ja, und, ähm, und der kommt dann und dann musst du als Türsteher, Türsteherin musst du, musst du die so zurückschubsen oder drücken und sagen, so ist alles gut, geht einfach und der Abend geht für euch gut aus, wir wünschen euch noch viel Spaß, so, tschüss. Ja, und dann gibt es oft so einen Kumpel, der vielleicht noch fährt oder sonst was, der sagt, ja, komm, lass gehen und so weiter, ja, und dann versuchst du den noch so, komm, nimm deine Kumpels jetzt mit, zieh den weg, aber dadurch, dass du ihn so weggeschoben hast, denken viele das so, das ist so, wow, fass mich nicht an, Digga, du bist zu mir gekommen, bist in meinen Mikrokosmos gekommen und ich muss dich rausschieben, also fühlt der sich so, als wenn er eine Legitimation hat, er ist berechtigt jetzt dazu, du hast hier angefangen als Türsteher ihn anzufassen, ja, hast du, dass er jetzt sagt, okay, die haben mich so Art geschubst, angegriffen, ich bin jetzt ja nur noch, ich bin jetzt ja nur noch der, der sich wehrt, ja, ich mache jetzt nur noch eine Gegenreaktion, ja, und dann ist es, dann ist es halt so, dass man, dass die aus dem Strudel so gut wie nicht mehr rauskommen, ja, jetzt könnte man sagen, ja, die beiden Polizisten waren auch da oder so, nee, das war schon, das war schon später, die waren schon weg, so ein Zelt lichtet sich dann relativ schnell, dann bleiben die Alkoholleichen, dann bleiben die, die versuchen noch irgendwie einen Stich zu bekommen oder einen Stich zu geben, ja, und natürlich die, die irgendwie auf Agro sind, die bleiben dann auch da, bleibt schon ein ganz spezieller Mix so am Ende, war dann auf jeden Fall so, dann so raus und dann irgendwann, man kommuniziert das schon relativ klar und wir waren natürlich auch, okay, Digga, wenn du nicht hören willst, ne, eine Verwarnung, zwei Verwarnungen, drei Verwarnungen, reicht, das heißt, dann sagt man, geh jetzt raus, Mann, verpiss dich und so weiter und dann wird man auch dünnhäutig so, ja, dann sagt er irgendwas Dummes, beleidigt er oder was weiß ich, hält sich jetzt für eine ganz große, harte Nummer und so weiter und dann schiebt man die langsam raus und das Körperliche, damit können die nicht um, die können körperlich sein, aber du darfst nicht körperlich zu denen zurück sein, haben wir die rausgeschoben so, dann schiebt man die so beiseite vom Zelt so um die Seite und dann auf einmal, dann auf einmal werden sich auch diese drei, vier, fünf Kumpels werden sich dann einig, ja, wir waren dann nur zu zweit, der Danilo kam gerade an, Danilo war selber immer an der Tür, hat überall mitkassiert, aber selber stand da immer so ganz wenig, ist dann immer auch mit dem Auto weggefahren zu irgendeiner Pähle oder sonst was, oh, ich muss nochmal drei Stunden telefonieren am Auto, ja, und der kam dann, der kam dann glücklicherweise und diese vier, fünf haben uns dann so, haben uns dann so in die Ecke gedrängt und das, da erinnere ich mich noch ziemlich genau dran und der eine und dann schubst man den immer so weg, jeder, der mal ein bisschen Kampf gemacht hat auf der Straße, wenn man eigentlich nicht kämpfen will und der eine ist besoffen und man weiß eigentlich, man zerstört den mit ein, zwei Schlägen, dass man dann noch so zurückgeht, zurückgeht und geschubst und irgendwann, wenn man sich, wenn man dann so zwei, drei, vier, fünf Meter zurückgegangen ist und dann ist einer der Kumpels, ist dann auf Mike, Mike ist dann mit denen ins Zelt, so an die Zeltwand gefunden, hat mit dem auf dem Boden rumgerangelt, Danilo ist dahin und der eine Typ, der auf mich zugekommen ist, ist gekommen, ich habe mir eine gerade durchgehauen, direkt auf die Nase, der ist sofort lichter aus, der ist sofort K.O. gegangen, ich sage den Leuten, krass, wie der Philipp ist jetzt so darstellt, meine Güte, ist halt eine gerade und wenn die durchkommt, auf die Nase beim betrunkenen Digger, der fällt halt um, der zuckt nicht mal mit der Arme hoch, da brauchst du nicht King Kong für sein, das funktioniert einfach so, weil diese Selbstüberschätzung unter Alkoholrausch und im Drogenrausch ist einfach gigantisch. So, der Typ umgefallen, der Mike liegt auf dem Boden, Danilo versucht den runterzuziehen und kommen immer mehr von den Kumpels umher, ja, und wen er kannte und wie das weiterging, das erzähle ich euch im nächsten Teil, Leute, geht die Türstehereihe weiter, ein paar Dinge werden da noch kommen, wie wir da auch eine Firma aufgemacht haben und so weiter, das wird in den nächsten Teilen kommen, wie wir da eine Tür genommen haben, die Rocker mischen sich ein, also es wird krass weitergehen jetzt, immer wieder Gewalt, wird mir jetzt noch bezahlt für, trotzdem spielt die Polizei jetzt eine Rolle und ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn ihr Bock habt, diesen Kanal zu unterstützen werdet, Mitglied, da kriegt ihr mehr exklusive Inhalte, ihr könnt bei Patreon mitmachen oder hier in dem Mitgliedsbereich anklicken, lasst einen Daumen oben da, kommentiert gerne eure Erfahrung oder wie ihr das Video fandet, macht die Glocke an, wenn ihr das generell informiert werden wollt, wann es ein neues Video gibt und schaut mal auf den Verein extremistlos.de, dort könnt ihr unsere Arbeit unterstützen in der Antigewaltarbeit, Deradikalisierung, für Vorträge und so weiter, sind wir natürlich auch buchbar an Schulen, Jugendhilfeeinrichtungen oder zu Einzelgesprächen und so weiter, alles Mögliche, aber jetzt habe ich ganz schön drauf losgelabert, mir ist warm und ich verbleibe mit einem Ahoi von der Küste. Moin Leute, da melde ich mich mit dem dritten Teil, Multikriminell, letzte Teil hat aufgehört, dass ein paar Dorfjungs den Harten machen wollen, ja, Hashtag NoHit gegen Dorfjungs, weil da sind echt immer so, weißt du, wo du den ganzen Tag so irgendwie so einen Flug ziehst so mit der Hand und Treckerreifen stemmst und so weiter, ja, die brauchen kein Fitnessstudio, da knallt der so aus dem Oberarm raus, dass auch mal so ein Kopf abfallen kann, also, aber ich muss das jetzt so von der Situation her so erklären, war schon ein bisschen dörflich, ja, ich gehe davon aus, bei den drei, vier, fünf Jungs, die da Stress gemacht haben, waren mit Sicherheit zwei, drei Bauchtaschen dabei, aber ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch eine Mike, natürlich immer, immer, wahrscheinlich heute immer noch und dauerhafter Begleiter davon, aber okay, es gibt Ärger, ja, mit der Graden niedergestreckt, Mike ringt am Boden mit einem und schlägt auf ihn ein, der Danilo zieht die auseinander, die anderen wissen nicht so genau, was sie machen sollen, ja, wenn natürlich die ersten beiden erstmal fallen, dann sind die, also wenn die zwei aggressivsten fallen, die vermeintlich zwei besten Kämpfer aus dieser Gruppe fallen, dann ist der Mut bei den anderen dreien schon mal weg, weil sie sagen, okay, das waren unsere besten zwei und die sind jetzt K.O. Und wie geht's denn jetzt weiter? Und dann muss ich auch dazu sagen, in der Deeskalation zu dem Zeitpunkt war ich mega beschissen. Was ist Deeskalation, ja? Also, wir haben schon versucht, an der Tür ein bisschen uns zurückzunehmen, aber da reden wir dann davon, von völligen, also, wie so ein Raum, wo so ein Benzingeruch drin ist, Benzin auf dem Boden und irgendjemand spielt so mit so einer Zigarette da drin, so, ja, und dann ein bisschen zurückgehalten, aber jetzt, weißt du, wenn du uns doof kommst, Schlägerei geht los, dann gibt's auch keinen Halt mehr. Dann ist es nämlich auch so, wo das Problem ist, wenn man so, wenn man Gewalttäter als Türsteher benutzt oder als Security, was weiß ich, Ordner, dass dann Gewalttäter, selbst wenn sie angegriffen werden, ganz schnell selber zu Tätern werden und in den Angriff übergehen. Das ist, das glaube ich, weil die dementsprechende Schulung fehlt, Deeskalationsmethoden fehlen und so weiter. Es ist schon ein wirres Durcheinander, das erste Blut fließt bei denen gegenüber, dann sind andere dazugekommen, besonders Leute, die uns auch kannten, die dann auch dazukommen, wollen dann auch mit einschlagen, mit eintreten, das ist dann auch so. Da sehen dann auch viele, was eine klassische, das wieder klassische Gruppendynamik ist, ihr wisst, ich rede zu gerne über Gruppendynamiken, weil wenn wir die auflösen können und dem nicht folgen, dann wäre, dann wäre, dann wäre, dann wäre es alles ein friedlicher Ort, weil wir so viel aus Gruppendynamiken heraus machen, im Alkoholrausch, im Drogenrausch und so weiter. Das heißt, diese Typen, die vorher auch irgendwie so einen Harten gemacht haben, irgendwie in der Dorfdisco, sind jetzt am Boden, da kommen andere, die dazwischen gehen, die anderen drei stehen da rum, wollen auch noch irgendwie kämpfen, wissen aber nicht so genau, da kommen andere dazu und sehen jetzt ihre Chance dann auch auf die einzuschlagen, sich einzumischen, sozusagen auf unserer Seite, um uns zu helfen. Also so eine völlige Eskalation, ja, jetzt können wir auch mal zurückschlagen, jetzt kriegt ihr eure Packung dafür, dass ihr mal hier einen Harten macht bei den Dorffesten und so weiter. Das heißt, okay, das haben wir jetzt gesehen, wir dürfen jetzt die Situation nicht völlig eskalieren lassen, wir dürfen auch nicht vergessen, dass es hier auch immer noch einen Auftraggeber gibt, der uns dafür bezahlt, dort für Ordnung zu sorgen, ja, besonders der Danilo natürlich hier, das war immer das Wichtigste, will ich jetzt nicht mit dem Finger auf ihn zeigen, weil mir ging es ja auch ums Geld und dass wir dann natürlich versucht haben, auch die Situation wieder zu entschärfen, ja. Das ist dann so irgendwie, dann wird das so auseinandergezogen und dann geht man so hin und sagt so, pass auf, weißt du, wenn ihr jetzt hier weiter einen Harten macht, so die drei, die unentschlossen waren, wenn ihr weiter einen Harten macht, dann geht es für euch auch uns krank aus, das ist scheißegal und dann suchen wir euch morgen auf, ja, und dann kommen wir euch besuchen und dann ist für euch alles hier gesperrt, egal wo ihr hinfahrt, ob ihr nach Rostau fahrt, ob ihr nach Schwerin fahrt, ob ihr Greves-Mühlen fahrt, nach Wismar fahrt und sonst was, ihr kommt nirgendwo mehr rein und das ist immer so eine Sache und dann seid ihr alle dran, ist egal, dann merken wir uns eure Gesichter und so weiter und dann werden immer die Augen so ganz groß, ja, dann so, ja, nee, ich muss damit nichts zu tun und scheiße, was machen die auf so einen Harten und tut mir leid und, ja, jetzt nicht so aufregen, chill mal, komm mal runter, ja, also wechseln dann auch ganz schnell immer von Täter in Opferrolle und so weiter, ich hab ja nicht hier, er hat nur einen Harten gemacht und wir wussten gar nicht, worum das geht und tut uns leid und, ja, dann geht es so ganz schnell, ja, und die, die dann die Kloppe bekommen haben von uns, die werden dann ja auch wieder aufgerichtet und stehen dann so und einer von denen, der von mir in den V-Schlag auf die Nase bekommen hat und dann K.O. gegangen ist, der hat dann sich auch nicht beruhigen lassen, ja, das ist dann auch so dieses Schmecken so des eigenen Blutes, ja, wenn man dann wieder bei Besinnung ist, ist das Alkohol, das Adrenalin in den Adern ist ja noch da und dann ist das Beruhigen ganz, ganz schwer, wenn Drogen noch im Spiel sind, boah, da hab ich Dinge erlebt, wie Leute wirklich schon zerschmettert waren, Gesichtsknochen, andere Knochen, Wunden, Platzwunden, Blut, Augen kaputt, Nase kaputt, Zähne raus und so weiter, die in ihrem Drogen, Alkohol und Blutrausch überhaupt nichts mehr gemerkt haben und völlige Selbstüberschätzung und fast immer weiter drum gebettelt haben, immer schwerer verletzt zu werden, das ist eine ganz, ganz gefährliche Mischung, besonders wenn man dann niemanden mehr hat, auf den man hört und dann hat er immer weiter gepöbelt und dann hat er jetzt aber, er hat jetzt gesehen, okay, jetzt kann ich hier nichts mehr ausrichten, meine, meine Gruppe, mit der ich bin, scheiße, die kämpft irgendwie nicht mit, ich stehe jetzt hier irgendwie alleine oder zu zweit, ja, dann ist das ja auch immer noch so, was man jetzt auch mal sagen muss, mischen sich auch ganz oft so Perlen so ein, ja, da mischen sich ganz schnell so Frauen ein, die dann so ganz hysterisch oft entweder, entweder, also ich habe nur die zwei Typen kennengelernt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ich weiß viele, die hier an der Tür gearbeitet haben, die werden das auch kennen, könnt ihr kommentieren die unterschiedlichen Typen, entweder die Frau, die den eigenen Mann anpöbelt und sagt, ich will los und wieso drastest du aus sofort, komm mir jetzt mit und was für eine Scheiße hast du wieder gebaut und so weiter und die auf ihren Mann dann einreden, der stumm gemacht hat und sagt, es reicht mir und ich, ja, also die dann versuchen, das zu deeskalieren auf ihre Art und Weise und dann gibt es aber noch die Frauen, die ihren Typen befeuern, ja, die von hinten losstacheln und so weiter, die sich mit einmischen, die auf einmal dann, ja, wenn du dann so stehst, so mit deinen drei, vier Türsteherkollegen und er steht da, pöbelt immer weiter, die dann so von hinten kommt, auch uns dann schubst und so weiter und die dann sagt, ich rufe jetzt die Polizei und so weiter, ja, ruf die Polizei, dein Typ hat hier alle angegriffen und ruf die Polizei, nee, ich habe das alles gesehen, der ist unschuldig, mein Mann ist so, ist das lämste Frommchen, weißt du, wird regelmäßig zu Hause vermöbelt oder sonst was, ja, gehen dann so, gehen dann so völlig ab und, ja, und dann drängeln die sich so durch, ja, und dann schubsen sie so beiseiten und sagen, so Mensch, verpiss dich jetzt mal hier bitte, ja, dein Mann, wir warten jetzt hier auf die Polizei und sonst was, ja, und die dann sagt, oh, du hast mich angefasst, ich zeige dich an, die sich fast so auf den Boden schmeißen und sagen, oh, du hast mir den Arm gebrochen oder ich habe ein blaues Auge jetzt von dir und so weiter, völlige Übertreibung, es ist entweder das Klientel, scheiße, ich ziehe meinen Mann da jetzt raus und was für eine Scheiße hast du gebaut oder totale Befeuerungen und spielen sich mega wichtig auf, diese beiden Extreme habe ich so kennengelernt, so irgendwie sowas dazwischen, gab es für mich jetzt nicht, aber ihr könnt gerne in die Kommentare das so reinschreiben, ja, die sich dann auch immer sagen so, oh, ihr wisst gar nicht, ich weiß, wie wen ich kenne und meinen Bruder, ich hole jetzt auch den und den und ich sage, ja, Mann, mach, hier ist mein Telefon, wird sie von meinem Telefonhaus anrufen, die sollen alle jetzt hierher kommen, weißt du, nervt einfach, ja, und der Typ stand dann da und die Perle dann da und dann hat er rumgepöbelt, ja, und dann steht er da so, so, als wenn man so zurückgehalten wird, ja, wird in jeder guten Comedy, wird das ja immer gemacht, kann man immer in den Bildern sehen, so, als wenn man so zurückgehalten werden muss, ja, und wir stehen da so, komm doch, weißt du, ja, weil wir waren da nicht so die Typen, die dann sagen, so, ja, fahr mal runter, sondern, naja, dann komm alle, weißt du, wenn es dir noch nicht reicht, weißt du, den gibt es noch einen auf die Fresse, ja, ja, also das ist der Grund, auch warum man dann so Gewalttäter und Milieu-Leute und so nicht als Türsteher und Security nehmen sollte, weil sie auch nicht aufhören können, ja, eine Beleidigung wieder und es geht wieder völlig in die Attacke los und, ja, wie geht es dann so klassisch weiter, wird jeder von der Tür kennen, ja, ist es dann so, dass er dann so, ey, ihr wisst gar nicht, mit wem ihr euch angelebt habt und so weiter, ich gehöre zu der und der Gang und mein bester Kumpel oder einem meiner besten Kumpels ist der und der und hat dann Namen gesagt, Marco, der ist verstorben, hat er gesagt, ja, Marco und so weiter, der dann, der auch Gewalttäter war, der viele Leute kannte, Türsteherfirmen, auch Leute aus dem Drogenhandel und so weiter und hat dann gesagt, ja, das werde ich jetzt schon sehen, wenn ich den jetzt anrufe, dann kommt der vorbei mit ein paar Leuten und dann seid ihr alle dran und so und dann, ey, weißt du, wie dann so, ja, welcher Marco, dann sagt man Nachnamen, hat dann Nachnamen gesagt, er gesagt, ja, okay, Digga, ruf mal an, ruf mal an, und dann eher so, schon total so, man ist ja dann auch so im Tunnel, man denkt sich, man hält sich für sonst wen und so weiter, und dann, wir so, ja, ruf mal an, wollen wir mal wissen, sollen sie alle herkommen, ist gut, ja, und er so wirklich ans Telefon hat dann angerufen, wir reden ja auch, ist nachts um 1, 2, 2 oder sonst was, ja, vor so, oder also neben diesem großen Bierzelt drin läuft noch die Mucke, Leute stehen umher und er pöbelt da rum und dann geht er ans Telefon und sagt so, ja, du musst mal herkommen, hier gibt's Hauerei auf dem Dorf, die Security hat mich zusammengeschlagen und die anderen auch und die, die, die Mareike, was weiß ich, die haben sich auch geschubst und so weiter, der andere am anderen Ende des Telefons, natürlich, ja, klar, ich komme vorbei, wir sind gleich da und so weiter und fahren dann los und er dann so, so total, kriegt er wieder Oberwasser, ja, ihm läuft das Blut so aus der Nase, ja, und er kriegt so Oberwasser, stellt sich schon hin, wird wieder, auf einmal wird er wieder 3 Meter groß, 3 Meter breit, kommt gerade, kommt gerade aus dem Dreck vom, vom Zelt, jetzt hat er jemand angerufen und wird jetzt wieder auf einmal so groß und wir so, ja, ist gut, mach, mach, ja, und dann, da hat keine, ich sag mal, 10, 15 Minuten, er pöbelt mit seiner Pähle, steht er da und grinsen sich schon ein, dass wir gleich dran sind, gleich kommt hier eine richtige Armee und so weiter, ja, und dann war es wirklich so, ist ein Auto vorgekommen, dicker Audi S8, 3, 4 Leute drin, kommen so raus und kommen so, kommen so, wo wir stehen, kommen so auf uns zu und kommt der Marco zu uns an und begrüßt erst mal uns, sagt er, das ist nämlich, das ist von dem Mike, war das einer der besten Freunde, ja, und begrüßt uns so und fragt so, was ist hier los und dann sagt der, der mit der blutigen Nase steht, der sagt dann so, ja, das sind die und so und dann der Marco gleich so, man, halt deine Fresse, Alter, was hast du hier gemacht und so weiter, so, der ist aber von, das muss man sich vorstellen, wie so eine Kinderhüpfburg, ja, die aufgeplustert ist, ja, dass du dann wirklich da mit, mit alle, was weiß ich, mit Messern reinstehst, wo die Luft so innerhalb von wenigen Sekunden raus ist, ja, wie so eine Kinderhüpfburg zusammengefallen, der Typ und er so, was soll das, was rufst du mich an, weißt du nicht, wer das alles ist hier und so und er dann so, 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 total so, so klein mit Hut, ja, der hat an dem Abend so ein Tal durchlaufen von, äh, ich komme da ganz normal zum Feiern an, ich bin voll der Monster King Hauer, dann ich liege im Dreck, dann jetzt kommen meine Kumpels und jetzt ein Auf und Ab der Gefühle und wir sagen so, weißt du, Alter, was ist das hier, ein Freund von dir oder was? Ne, was hier und ja, der vertickt hier ein bisschen was Kleines und was sehe ich, oder ich mache zudem mit dem Sportstudio, keine Ahnung, sowas, ja, haben da auf so einem Dorfstudio trainiert und dann erst mal so, ja, Alter, was, welchen Auftrag hat der, ne, und dann, und dann hat der andere dann immer noch so zu dem, zu dem Marco gesagt und gesagt so, ja, das kann doch jetzt nicht durchgehen, die haben mich hier zusammengeschlagen und so weiter, ich habe gar nichts gemacht, natürlich ist dann immer so die Antwort, ne, und dann ist Marco noch so völlig ausgeführt, hat gesagt, wenn du dich in die Fresse hältst, das kriegst du mich auch noch auf die Fresse, weißt du, du kannst froh sein, dass du jetzt hier so raus bist, man ist verpissig, Alter, so, die Alte so groß mit Hut, er so groß mit Hut, Marco ist das peinlich und wir feiern uns seinen ab, Alter, das sind so Erlebnisse von der Tür, weißt du, wen ich kenne und so weiter, das ist das Übelste, aber da kommen wir noch zu ein paar Geschichten so, wo Leute sich echt zum Arsch gemacht, zum Klops gemacht haben, wenn du selber nichts bist, dann sagst du sowas, weißt du, wen ich kenne, weißt du, wer meine Freunde sind und so weiter, weißt du, weiß ich nicht und dich kenne ich auch nicht, weißt du, wenn man sich schon selber so vorstellen muss, wenn du wichtig bist, dann kennt man dich, ja, also das ist einfach so, das ist so ekelhaft an der Tür, ich glaube, das kennt jeder Türste, ich komme hier umsonst rein, ich muss hier keinen Eintritt bezahlen, ja, ah, meine Güte, Alter, so, und dann endet so ein Abend auch, ja, gab da natürlich keine Anzeige und so weiter, aber es schwirrt ja immer trotzdem so umher, ne, es ist scheiße für den Auftraggeber, für uns, wir sind genervt, dass so einer so einen Harten macht, ja, und da muss man auch mal aufpassen, besonders wenn man an Leute vom Milieu an der Tür gerät und so weiter und du selber irgendwie so in den Tickerstrukturen drin bist und so weiter und du machst einen Harten in einem Club, in einer Disco und so weiter, wo Milieu an der Tür steht, dann werden ganz schnell Strafgelder aufgerufen, Leute, Strafgelder ist so eine super Einnahmequelle von auch Türsteher, Türstehergangs, Milieugangs und so weiter, ja, wenn du dann selber irgendwie so zum Halbmilieu gehörst oder Milieu gehörst, du benimmst dich in irgendeinem Club, daneben und so weiter wird ganz schnell ein Strafgeld aufgerufen, ja, Digga, wir haben beinahe die Tür verloren, ja, wird so ein Szenario aufgebaut, wir haben beinahe die Tür verloren, was machst du da, weißt du, Mann, ich habe für dich die Hand ins Feuer gelegt, du benimmst dich so scheiße daneben hier, weißt du, hast das und das gemacht, hast dich daneben benommen, Digga, ich habe echt richtig Stress, ich muss zwei Termine von dir fahren, Digga, ganz ehrlich, ich sage dir, da muss Geld fließen, sonst kommst du nirgendwo mehr ran oder du kriegst mal einen auf den Nuss, ich sage mal, zwei Mille muss man auf den Tisch legen oder so, das ist eine super, das passiert so häufig, kann man sich, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen und das wird heute noch genauso gang und gäbe sein, Strafgelder, eine richtige Industrie im kriminellen Milieu. Ja, ihr seht schon, schwer begeistert, Türsteherei, Scheiße, so ein Heckmeck, so ein, brauche ich auch nicht, ich brauche diese Anzeigen nicht, ich selber stecke mit Anzeigen bis voll unter die Decke, ja, immer wieder wühle ich mich da sozusagen raus, versuche eigentlich ein kleineres Profil zu fahren für die Multikriminalität, für das Professionalisieren der Kriminalität, um möglichst viel Geld zu verdienen, helfen natürlich die Schlägereien an solchen Orten nicht weiter. Naja, wir haben schon sehr viel Wert drauf gelegt, besonders der Maik und ich haben Wert drauf gelegt, dass wir in der Region, wo wir sind, dass wir schon immer mit im Boot sind, dass wir dementsprechend Geld verdienen, dass wir auch die sogenannten Kameraden noch, die so eine Art Übergang machen, einige von der Kameradschaft Werwolf aus dem Bereich Rechtsextremismus raus, zur Kriminalität, zu Rockerclubs nachher, dass wir denen eine Perspektive geben, das geht über Arbeit an der Tür, wo man sich am Wochenende halt 100, 200, 300 Euro nebenbei verdienen kann, ja, dass man Motorrad finanzieren kann oder sonst was, dass man besser leben kann. Größere Autos ist natürlich ganz wichtig, war mir damals ja auch mega wichtig, ja, muss neues Auto sein, größte Karre, große Felgen und so weiter, ja, heute so die Autos, über die ich heute abfeiere, ja. Immer wieder dann also in der Region, wenn es um Türstehrei geht, wenn es um diese Aktion geht, müssen wir mit im Boot sein. Dann ist es auch so, vielleicht noch eine Sache, die hängen geblieben ist, wo welche Rolle dann immer wieder Polizei steht und warum man Milieu-Leute nicht für diese Sachen nimmt. Es gab dann, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo, irgendwo eine Feier, irgendwo der Küste entlang, an der Mecklenburgischen Küste, ein Dorffest. Mittlerweile haben wir auch immer mal Aufträge angenommen sozusagen oder wurden wir angefragt von einem schwarz-weißen Motorradclub in Deutschland gegründet, weltweit aktiv, den Namen kennen die meisten, die dort auch eine Türsteherfirma betrieben haben, mit denen wir auch Kontakte hatten, dann damals zum Rotlichtmilieu, die immer dann mal wieder angefragten, Mensch, da in eurer Region haben wir einen Auftrag bekommen für so ein Dorffest, ja, am Strand mit irgendwie ein bisschen Musik und Feuer und dann Feuerwerk und tanzen, bla 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 und saufen. Warum wurden wir dann angefragt dazu? Ist natürlich, wir kennen die Leute, ja, die wussten ganz genau, ja, wenn die dort eine Feier machen, besonders in und um Wismar und wenn es dörflich wurde, dann kommen, dann kommen halt rechte Hooligans, ja, aus dem Bereich damals Hansa Rostock, Hashtag No Hate, ja, hoffentlich Aufstieg in die zweite Liga, ich gönne euch, ja, Rechtsextreme aus den unterschiedlichen Kameradschaften, ja, wir haben immer noch das Nazi-Dorf Jamel da um die Ecke, obwohl die auf diese Dinger nicht so gegangen sind, aber ein paar Freunde so aus deren Umfeld. Ganz viel Klientel kommt dahin, dass nach Ärger riecht und diese Dorffeste holen sich dann auch manchmal bei Firmen dann auch nur so zwei oder drei Türsteher, ja, da kommen tausend Leute und sollen zwei, drei Leute für tausend Leute Ordnung sorgen und das ist natürlich, das ist, das ist nicht zu gewährleisten, ja, das ist, glaube ich, da wird an der falschen Stelle gespart. Ja, da stehen irgendwie zwölf Bardamen und Cocktailmixer und Bratwurst, Heinis, ja, aber um die Sicherheit zu sorgen, da wird dann nur 300 Euro ausgegeben, ja, das ist echt, das sollten Veranstalter echt überdenken, die Sicherheit ist ein wichtiges Thema und guckt und prüft, wen ihr engagiert. Auf jeden Fall wurden wir jetzt dafür angefragt und wir sind in den Regionen zum Einsatz gekommen, weil wir natürlich die Leute kennen, ja, wir wussten, welche Rechtsextreme da kommen und wir sind gleich zu denen hin und gesagt, Digger, wir machen heute hier die Tür oder wir machen heute hier Ordner und Sicherheit, Mann, bitte, weißt du, nee, verpisst euch nachher 22 Uhr, wenn ihr zu voll seid oder wenn hier Agro ist, bitte verpisst euch dann, ja, wir hatten ein Draht zu denen, die haben uns respektiert, ja, und wir wussten ganz genau, wenn du dich daneben nimmst, da kamen wir eine schnelle Hamburger Schelle latschen, ohne dass dann alle 20 durchdrehen und deswegen wurden wir dann für diese Sachen auch, wurden Maik und ich für diese Sachen dann auch eingesetzt. Ja, waren wir dann an diesem Fest, dann muss ich auch dazu sagen, wir haben es mit, äh, mit diesem, ja, mit dem, so kein Alkohol und, äh, so mit Taschenlampe leuchten und irgendwie so stehen und alles beobachten, so die Gegend glatschen und so weiter, haben wir nicht so genau genommen, ja, will ich dann, will ich dann echt mal so sagen, ich muss auch dazu sagen, immer wenn die Polizei mal vorbeigeschaut hat und den Veranstalter gefragt hat, ja, wo sind die Sicherheitsleute und dann kommen so die, kommen so die zwei, so Dorf-Sheriffs, so aus Wismar und kommen so und der Veranstalter gesagt, ja, hier, die sind heute viel für Security, wir hatten so schwarze Westen hinten mit Security drauf gedruckt, ja, und dann so schwarze Pullover an, wie das so ist und dann ganz wichtig, so irgendwie, äh, schwarze Torsteinerhose an oder so, ja, ähm, braucht kein Mensch, die Marke und, äh, und dann wurde der Polizei gesagt, so, ja, hier, das ist das und dahin unsere Security-Leute, wir so hin, ja, moin und die Polizei so, oh, meine Güte, ja, echt, da, glaube ich, gibt es ganz unterschiedliche Ansätze der Polizei, ja, okay, finden wir das jetzt gut oder finden wir das scheiße? Klar, die kennen die Pappenheimat, die können die wahrscheinlich unter Kontrolle kriegen, aber wenn was passiert, dann ist hier auch Mord und Totschlag. Weiß ich nicht, müsste man die Polizei so sagen, wie sie das so sieht, so, aber ich glaube, viele haben sich wirklich hier so gegen die Stirn geklopft und haben gesagt, oh, na, Happy Birthday, da haben sie ja genau die Richtigen hingestellt. Jetzt könnten viele natürlich sagen, wie war das mit dem 34a-Schein, ja, äh, kleiner Sicherheitsgewerbeschein, was weiß ich, wie der heißt, 34a, irgendwas, ähm, hattest du den? Natürlich hatte ich den nicht. Ich war vorbestraft als, äh, mehrfacher Gewalttäter, Mike, äh, zehn Jahre Gefängnis gerade abgesessen und so weiter. Äh, der Danilo hatte mit dem 34a-Gewerbeschein ein schönes florierendes Business aufgebaut, ja, der, äh, der hatte nämlich behauptet, er hat jemanden bei der IHK sitzen, ja, dass er einen Bekannten bei der IHK hat, der diese Urkunde, ähm, diese Urkunde ausstellen kann, mit dem Originalstempel und unterschrieben, hatte er mir gegenüber auch so behauptet, hat diese 34a-Scheine, ich glaube, für, boah, 150 bis 250 Euro an Leute verkauft und hat gesagt, das ist dann eingetragen bei der IHK und so weiter. Ich habe das auch geglaubt, jetzt könnte man wieder sagen, oh, Philipp, du bist aber immer gleich, gleich, glaube ich, es geht doch darum, wenn dir jemand, der langsam ein guter Freund von dir wird und der sagt dir was, dann glaubst du das? Warum soll man das alles in Frage stellen, ja, im Nachhinein betrachtet, denke ich mir auch, ja, ja, wo soll der jemand von der IHK haben, warum sollte jemand, der echt einen guten Job bei der IHK, warum sollte der für 150 oder 100 Euro seinen Job aufs Spiel setzen? Aber es gibt halt auch solche Idioten, die das machen mit ihren Jobs und, äh, ja, ich wollte ein Believer sein und, äh, ich habe erst nachträglich rausbekommen und diese Scheine haben wir, ich will sagen, ich habe davon auch, bei uns im Club habe ich davon nachher oder bei uns in der Firma habe ich davon 8 bis 12 Stück verkauft, ich habe die nachher von Danilo für einen Hunderter bekommen, habe die für 200, 250 weiterverkauft, 10 Stück mal schnell weiterverkauft, 1500 Euro Cash von oben, ja, ähm, die sind nach Rostock verkauft worden, die sind nach Schwerin, überall sind die hin verkauft worden, die Urkunde sah echt super aus, ja, guter Fälscher, ne, gutes Papier einmal gekauft, Unterschriftstempel nachmachen lassen, so ist das gelaufen, nix eingetragen bei der IHK und so weiter, ja, natürlich, und ich brauche auch nicht bei der Polizei hingehen und, und sagen, hier, hier ist mein 34a-Schein, gucken Sie sich das mal schön an hier im Rahmen, ja, die lachen sich Schrott oder so, ja, aber so funktioniert das oft, Leute wollen glauben, Leute bezahlen dann dafür und sagen, ich habe einen 34a-Schein und dann fallen sie hinten rüber, ja, ist dann nicht nur, das weiß ich, Unterschriftfälschung, was weiß ich und, äh, man darf nicht arbeiten, weiß ich nicht, was da alles für Anzeigen dann reintrudeln, so nach Hause, jetzt waren wir auf diesem Dorffest, ja, uns ist dann auch oft langweilig, wenn der Maik und ich da irgendwie 18 Uhr kamen, Stimmung, ja, standen wir da schon rum, erst mal eine Bratwurst essen, noch eine Bratwurst essen, Zuckerwatte kaufen, ja, Mandeln reinschieben, ich und Maik waren dann auch echt gut drauf, so was das Gefutter angeht, ja, uns waren auch langweilig und dann, ja, dann doch an Tresen ran, okay, ein Bier können wir trinken, ein Alster, ich dann Maik gefragt, ich sag, fährst du nachher, ja, klar, ja, der war ja sowieso den Alkohol nicht so zugetan und dann gib ihm, ne, 19 Uhr, 20 Uhr, schon ganz gut bedüdelt, ne, was soll's hier, ne, wird ja ein easy Stadtfest, alles ist ganz locker, ja, 20 Uhr, 20 Uhr 30, schlagen dann, schlagen dann die Jungs vom, äh, von der Kameradschaft Wehrwolf auf, ja, ich war zu dem Zeitpunkt schon so raus aus der Kameradschaft, Wehrwolf, hab mich neu orientiert, wie gesagt, eine Multikriminalität, ja, kamen die Jungs an, 10, 12 Leute, schon gut vorher getankt, 3, 4 Stunden, kommen so rauf, das Dorffest sagt schon, ach, du Scheiße, da haben wir richtig Bock drauf, gehen zu mir und Maik so hin und sagen so, ja, die Jungs, die wollen wir hier nicht so haben, ich sag, ja, was sollen wir jetzt machen, sollen wir die runterschmeißen oder, die haben noch nichts gemacht, ja, wir so, ne, machen wir nicht, weißt du, ist uns doch scheißegal, war ja nicht unser Auftraggeber, ja, ich bin hier der Bürgermeister, ja, so ein Ehrenamtsbürgermeister von so einer Gemeinde, ja, was weiß ich, 5.000 Einwohner, 3.000, 2.000 Einwohner, ist auch scheißegal, ne, machen wir nicht, haben noch nichts gemacht, wir wollen hier, ne, sehen wir nicht ein, wir sind hier, ja, klar hätten wir normalerweise das Hausrecht für ihn durchsetzen müssen, aber der hat natürlich auch mich und Maik gesehen und hat gesagt so, ja, schwer begeistert mit der Firma, dann wurde der Typ von der Firma angerufen, der hat uns dann angerufen und hat gesagt, ne, die schmeißen wir nicht runter, sind Freunde von uns, wir haben das schon unter Kontrolle, ja, und dann ist wieder eine schöne Stimmung aufgekommen, ja, der Bürgermeister dann auch so immer wieder dann so geguckt, der hat sich sehr engagiert, ja, für eine freie, offene Gesellschaft, stand offen gegen rechts und hat dann so natürlich mit den Jungs angeeckt, so am Bierwagen, ja, wir waren dann auch, also diese von der Kameradschaft waren dann auch sehr laut, immer, ja, pöbeln rum und sind sehr auffällig, ja, sind schon dann unangenehmes Klientel, unangenehme Gäste und es war dann so, dass die dann aneinandergeraten sind und dann gab es eine Diskussion und dann war es ja auch so, die Eskalationsstufe, es gibt keinen Konsens, keinen Kompromiss, an dem man dann in so einer Situation dann mit Rechtsextremen reden kann, den gibt es nicht, Leute, ja, sondern da sollten gleich die Fäuste fliegen, Maik und ich noch dazwischen, ich schon auch gut betrunken, ja, wir noch dazwischen und haben hier zu dem Bürgermeister gesagt, so, pass auf, du solltest dich vielleicht mal ein bisschen zurücknehmen, er so, ja, das ist aber mein Stadtfest, ich sage, ja, aber du bist jetzt hier alleine mit zwei, drei Leuten und die sind jetzt hier 15 Leute und haben doch hier noch Freunde und so weiter, was sollen wir da jetzt machen, ja, wir können die doch nach Hause schicken und wie dann wieder nicht so drauf reagieren und das sagt auch das aus, was für Schweine wir waren oder ich war und so weiter und der Bürgermeister völlig außer sich rumtelefoniert und es sollte dann auch so kommen, dass auf dem der ist so übers Feld gegangen und dann standen da drei, vier Leute von dieser Kamerad Schwerf, haben da Bier getrunken, auch schon gut angetüdelt, es ist nachts, ja, und dann haben sie ihn angepöbelt, er hat drauf reagiert und dann ging eine ziemlich heftige Schlägerei los bei diesem Dorffest, aber das erzähle ich euch beim nächsten Mal, Leute, also vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei seid, wieder bei dieser Geschichte multikriminell, die Türsteherei ist der Einstieg, wir kommen bald zu anderen Themen hier auf diesem Kanal, also Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert gerne, schaut den Verein mal an Extremismus e.V., das Buch ist vorbestellt, der 1.4. gibt es das Buch in allen Buchhandlungen online, natürlich bestellbar bei King unter den Kongs mit Signatur, wer es will oder mit einer Widmung, würde ich mich freuen, wenn ihr das unterstützen wollt, macht gerne eine Kanalmitgliedschaft, wir wollen diesen Kanal noch professionalisieren, wir wollen mehr Interviews machen und so weiter, ihr kriegt immer wieder Hintergrundinformationen als Kanalmitglieder, Extremismus e.V. ist der Verein dahinter, ganz viele Informationen ist für euch, die meisten haben es sowieso schon abgeschaltet, ich verbleibe auf jeden Fall mit einem Ahoi von der Küste. Moin Leute, melde ich mich mit dem 4. Teil Multikriminell, es geht immer noch um die Türsteherei, ja, kein 34A-Schein, aber 34A-Schein eingekauft, mit dem Gedanken, ja klar, ich bin bei der IHK eingetragen als Vorbestraftser, rechtsextremer Gewalttäter, völlig, völliges Loslösen der Realitäten oder von der Realität, wobei, ich denke, da gibt es immer mehrere unterschiedliche Perspektiven, egal. Ja, die Türsteherei will ich versuchen, unterschiedliche Sachen zu beläuften, wir haben sehr, sehr viel erlebt, aber ich will das auch nicht in die Länge ziehen, aber jetzt sind wir natürlich an einem Punkt, wir sind auf einem Dorffest, wo der Maik und ich eigentlich bezahlt werden, dafür, für die Sicherheit zu sorgen, besonders natürlich für die Sicherheit, die dort friedlich feiern wollen, aber wir können uns natürlich nicht davon lösen, dass wir die Leute, die dort kommen und die dort kommen, sind nun mal Gewalttäter, die wir kennen, die dort feiern mit Alkohol, Drogen, die einen gewissen Ton drauf haben, die auch viel zu aggressiv sind, die schon mit einer aggressiven Grundhaltung kommen, wie ich sie auch hatte. Ich muss dazu auch sagen, immer wieder, bevor das auf diesem Kanal untergeht, ich möchte es immer wieder betonen, dass ich ein sehr, sehr unangenehmer Zeitgenosse war, der nur darauf gewartet hat, für eine Legitimation Gewalt auszuüben. Immer wieder rechthaberisch, ich weiß alles besser und ich habe das Recht, auch jeden anzugreifen, jedem weh zu tun und ich bin hier der Boss und du bist gar nichts. Damit man da auch immer wieder das vergisst, damit das nicht so gespiegelt wird, okay, die Person, die jetzt heute hier sitzt, da ist viel Wasser die Elbe runtergeflossen, bis ich das geschafft habe, ein bisschen zu reflektieren und dort einen Wandel einzuleiten und diesen Wandel auch zu gehen. Es ist jetzt so, auf jeden Fall, der Bürgermeister hat uns gebeten, die Jungs irgendwie hier wegzuschaffen. Sie pöbeln, sie sind laut, sie sind aggressiv, die Stimmung kippt dadurch. Die Leute fühlen sich bedroht, das vergisst man immer wieder. Ich habe das so gar nicht gesehen, weil ich dieses Gefühl der Bedrohung nie empfunden habe damals, als ich aktiv war. Mir war das scheißegal, wer der andere ist, wenn wir da zu zweit, zu dritt waren und so weiter, dann kämpfen wir halt, wenn dann kommen wir am nächsten Tag mit Waffen, wir schießen, wir stechen, wir schlagen. Aber dass dort jemand ist, die dort auf dem Dorf, die das organisieren, die da viel Zeit reinstecken, die für die Dorfgemeinschaft über die Bierverkäufe Geld verdienen wollen, mit der Bratwurst für die Freiwillige Feuerwehr neue Geräte anschaffen wollen, war uns völlig egal. Es ist die Sucht, die Selbstsucht einfach, ja, und dass wir denen diese Feier dann kaputt machen, einfach durch ganz wenig Präsenz, durch ganz wenige Menschen da sind, für viele Leute das Fest kaputt machen. Der Bürgermeister dann auf uns zu und sagt, mach doch mal was, er ist jetzt von dem Fest an diesen Leuten vorbeigegangen, war auf dem Weg, es war dunkel, man muss sich das so vorstellen, diese Feste sind oft so, ich weiß nicht, wie man das so nennt, so Stoppelfeste oder so, ja, also auch wo dann irgendwie, nachdem die Ernte eingefahren worden ist und alles kurz geschoren wurde, so das Korn, finden viele feiern fest, jetzt nicht so Erntedank, aber doch, so ähnlich Erntedank, könnte man das glaube ich sagen. Ja, und dann ist so, auf diesem Feld ist es dann beleuchtet, wo die Buden so stehen, kaum geht man zehn Meter weiter weg, ist man völlig im Dunkeln. Und da standen diese vier, fünf Kameraden von Werwolf und ja, die sind dann, ist der Bürgermeister vorbei, sie haben ihn angepöbelt, er hat darauf reagiert. Damit will ich immer sagen, die Schuld ist hier natürlich zu 100 Prozent bei diesen Gewalttätern. Um Gewalt zu vermeiden, will ich das immer wieder mitgeben. Der Gewalttäter möchte einen Grund haben, loszuschlagen, was zu tun. Und für ihn ist das schon eine Legitimation, wenn er angepöbelt wird, ja, also wenn er lospöbelt und der andere reagiert drauf und sagt so, ach, halt einfach deinen Mund und so weiter, dann sagt er, was hast du gesagt? Und das ist für ihn schon der Grund zuzuschlagen. Am besten, wenn man mal in die Situation kommt, dass man angepöbelt wird, dass man vielleicht an Gewalttätern vorbeigehen muss und so weiter. Reagiert auf keine Sprüche, geht raus zur Situation, kommentiert nicht, zeigt keine Symbole, zeigt keinen Fackfinger, macht keinen Augenrollen und so weiter. Geht dran vorbei, geht raus zur Situation. Ihr könnt nachher immer noch im Taxi oder von zu Hause euch aufregen. Ja, ist einfach nur mal so ein Tipp aus Sicht eines ehemaligen Gewalttäters. Tja, und dann ging es rund. Fällt mir nicht ganz so leicht, das jetzt zu sagen, weil es mir natürlich leid tut für die Person. Ich habe mich viele Jahre damit nicht beschäftigt. Oft ist es dann erst so, wenn es zu diesen Situationen kommt, dass sich sie erzählt, dass es wieder hochkommt. Es ist dann so gewesen, dass dann ein, zwei von denen ihn sofort angegriffen haben, haben ihn angesprungen, haben ihn sofort zu Boden geschlagen und haben ihn relativ schwer verletzt. Wenn ich sage relativ schwer, es hat gereicht für einen Krankenhausbesuch und wurde dort von diesen Gewalttätern schon massiv zusammengeschlagen. Zu meiner Rolle, die jetzt hier echt übel ist, ist nicht ganz so leicht, das zu erzählen, ist es natürlich, wir sind mit den Jungs, die das da, die denen gerade zusammengeschlagen haben, mit denen sind wir befreundet oder sozusagen in einer Bande. Wir brauchen sie auch immer wieder, um unsere Geschäfte zu schützen, Schlagkraft zu haben und so weiter und wir bringen halt Zeit zusammen, wir feiern am Wochenende zusammen und wir haben sehr, sehr viele Sachen auch zusammen durch. Die prügeln auf ihn ein, das Opfer liegt am Boden, wir als bezahltes Security-Sicherheitsdienst sollten dazwischen gehen. Was haben wir gemacht? Wir haben mit Absicht noch eine halbe Minute oder Minute abgewartet, nachdem wir das gesehen haben und haben die noch ihr Werk verrichten lassen, bis wir dann ganz aufgeregt hingelaufen sind und dann so getan haben, als wenn wir dazwischen gehen. Ich weiß, dass wenn ich sowas hier sage, dass das ein Hate gibt, aber es geht ja darum, das zu erklären, wie solche Dinge funktionieren und dass es heute leider noch genauso. Genauso gibt es das heute in Clubs, in Diskotheken, dass Türsteher gewisse Dinge und Securities gewisse Dinge durchgehen lassen, wenn sie die Leute kennen, dass sie später einschreiten, dass sie die Opfer nicht schützen, dass sie die Opfer an den Tätern vorbeibringen, zusammen rausschmeißen und so weiter. Das soll also eine gewisse Awareness bringen. Also wir haben uns zurückgehalten, haben die Tat sozusagen vollziehen lassen, vielleicht aus der Motivation auch heraus, dass der Bürgermeister uns auf den Keks ging. Ja, ich weiß es nicht, ich kann es jetzt im Nachhinein natürlich nicht genau nachvollziehen, was die Beweggründe waren, aber weil er natürlich uns auch dann gesagt hat, ja, so einen Security-Dienst nehmen wir nie wieder und was seid ihr denn für eine Truppe und so weiter und wir fühlten uns auch beleidigt und sagen, ja, scheiß drauf. Und dann haben wir halt gedacht, gut, dann würde ich das vielleicht mal ganz gut tun, dort mal ein bisschen Haue zu kriegen. Aus der Sicht, weißt du, wisst ihr, das ist so einfach dann zu sagen, weil es für mich dann so relativ normal war, dann, wenn ich sage, ja, das gibt mal Haue, weil ich in meinem Leben ja nicht nur mal Täter war, sondern ich habe ja auch mal Schläge kassiert. Jeder, der auf der Straße als Gewalttäter mal unterwegs war, hat selber Schläge mal bekommen hat, Narben bekommen hat und für den, für mich war das dann relativ normal, aber für jemand anderes, dem sowas passiert ist, ist es natürlich ein Weltuntergang und das musste ich erst lernen. Wir sind dann dazwischen, haben die dann weggeschoben, haben gesagt, sie sollen sich sofort hier verpissen, sie sollten am besten nicht Richtung Wismar fahren, sondern weiter raus Richtung, ich weiß nicht mehr, Mensch, wie ist denn das? Ach, weiß ich nicht mehr. Ist Wohlenberger Wieg auch wieder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht Richtung Wismar und so weiter. Hier werden, die Polizei wird gerufen, gerufen worden sein. Ja, es sind dann von dem Fest, von den Bürgern, die Leute dazugekommen, haben erste Hilfe geleistet. Ja, wir dann auch so, ja, und dann wurden wir natürlich gefragt, habt ihr irgendwelche Täter festgehalten oder gesehen, wer hier war, das waren doch diese Nazis da aus Wismar und so weiter, wir so, nee, wir haben nichts gesehen, keine Ahnung, aber jetzt ist hier alles safe, dann spielt man sich auch so auf. Wir wussten natürlich, dass wir Scheiße gebaut haben, wir wussten, die Polizei kommt gleich, Scheiße, was ist los? Wir sind dann auch an den Bierstand ran, Maik hat sich so ein bisschen verdönisiert, ich bin am Bierstand ran, ich war auch da schon eine relativ bekannte Person zumindest in der Region und habe dann angefangen, wirklich relativ schnell dort Alkohol zu trinken, das heißt, wenn die Polizei kommt, dass ich gesagt habe, okay, ich war jetzt hier gar nicht mehr als Security, ja, weil ich, ähm, ich wusste, ich hätte diesen Job nicht ausüben dürfen, auch wenn ich gesagt habe, ich habe so einen 34a-Schein, jetzt wusste ich aber jetzt, wenn sowas passiert ist, da wird mir auch ein Zahn gefühlt und da brauche ich nicht hier so einen Wisch vorzeigen, ähm, das wird alles nicht hinhauen irgendwie. Das heißt, ich habe mir dann schon eine Strategie hingelegt, ich hatte sowieso ein bisschen, was heißt ein bisschen, ich hatte schon ganz gut getankt und habe dann relativ schnell mir irgendwie, äh, irgendwie hochprozentigen Alkohol in die Figur geknallt, um, ähm, dann wenn die Polizei sagt, dass ich sage, ja, ich habe nur hier bis 23 Uhr gearbeitet, ab 23 Uhr war ich eine Privatperson, ja, Security wirst du dem Maik mitgegeben und, ähm, so sich da aus der Affäre zu ziehen, ja, die meisten werden gesehen haben, dass ich da nicht der Täter bin, aber schwebte natürlich auch wieder über mir, ja, okay, wer weiß, ob du das dann nicht warst. Polizei kam an, Krankenwagen rein, Feststimmung natürlich völlig zerstört, wir haben diesen Leuten den ganzen Abend irgendwie kaputt gemacht, ähm, viele Leute natürlich Sorge um den Organisator, um den ehrenamtlichen Bürgermeister dort und, äh, ja, Polizei kam an, Personalien aufgenommen, ähm, auch festgestellt dann bei mir, dass ich stark alkoholisiert bin, ähm, ich wurde dann an dem Abend noch gefragt, ähm, wer das denn war, wen ich gesehen hätte, ich so, ja, keine Ahnung, waren irgendwelche Leute irgendwie, glaube ich, von außerhalb, ich glaube, irgendwie so aus der Richtung Parchim, Ludwigslust oder so, die hier Urlaub machen vielleicht, keine Ahnung, weiß ich nicht, ne, Polizei natürlich gleich, ja, wir haben gehört, das soll aus dem Bereich Werwolf sein oder so, ich sage, nee, kann ich nicht, die würde ich ja kennen oder so, ne, also so, zumindest das, was im Alkohol da zu sagen war, ja, und ich bin dann auch immer so, nee, dann laden sie mich vor, keine Ahnung, ab nach Hause, ähm, nächsten Tag ist ja dann auch immer so ein Phänomen, das können ja einige dann ja auch mal in die Kommentare sein, ja, nachts ist man dann ja immer so, oh, scheiß drauf, geil, raus und die haben keinen erwischt, die Bullen, erst mal rumtelefoniert, keine, keine Sache ist, ja, dann denkt man erst mal so nachts noch, ja, man ist so voll der coole Held und nächsten Tag so, wenn man seinen Toastbrot irgendwie so mampft oder so und denkt man so, scheiße, die Bullen werden ja in der Mitte, was, wie schwer verletzt ist, der ist ja im Krankenhaus, welche Anzeigen, gibt's da wen, haben sie erkannt, was sagen sie über dich und so weiter, dann fickt es mir, dann wird das Hirn mir richtig gefickt und das ist das, was viele immer ausblenden und das ist, schreibt das gerne in die Kommentare immer rein, wer kennt das nicht, die Tat dauert zwei Minuten, das Kopf gefickt, danach dauert manchmal ein halbes Jahr oder ein Jahr von Anzeigen, Gericht, geht's ins Gefängnis, was wird Geld strafen, was ist denn mit den Opfern und so weiter, das ist das, was immer vergessen wird oder bei vielen vergessen wird, wie die Konsequenzen danach sind, einfach für das eigene, für den eigenen Kopf ohne die Konsequenzen jetzt vom Staat, ja, Polizeivorladung bekommen, natürlich vorher noch mit einigen, die da waren, von Wehrwolf getroffen und gesagt, Mann, was habt ihr da gemacht, ja, dann noch so Moralapostel spielen, ja, das ist dann so auch, wodrin ich dann damals so relativ gut war, ja, oh, ich, okay, ich sehe es jetzt schon in den Kommentaren, Martin, weiß ich, was jetzt kommen wird, hä, Moralapostel machst du heute ja auch hier, linksgrün versiffte, Zecke, Merkel bezahlter Verfassungsschützler, so, schreibt gerne in die Kommentare rein, macht das mal, aber ich meine, das Moralapostel damals so, ich habe das laufen lassen, ich habe das gesehen, ich wusste, das wird passieren, wenn wir die jetzt nicht nach Hause schicken, wenn wir nicht eingreifen, wenn wir nicht dazwischen gehen, wird das so kommen, dann, wenn es dann passiert und dann wird es zu doll, dann kommt die Polizei, dann am nächsten Tag hingehen und sagen, Mann, wieso habt ihr die Scheiße gemacht, wieso kommt die da an, wenn ihr wisst, wir machen das Security, ja, das ist alles immer so sehr, sehr doppelmoralisch, das habe ich in allen Banden, in allen Strukturen immer überall erlebt und nach hinein diese Doppelmoralen, das Besserwissen und das Klugscheißen habe ich überall da immer erlebt. Und es ist dann so, dass ich relativ schnell eine Polizeivorlage bekommen habe, das stand dann auch in den Zeitungen bei Dorffest, Bürgermeister von vermeintlichen Rechtsextremen zusammengeschlagen, Krankenhaus verletzt und so weiter, was dann öffentlicher Druck ist, ja, das heißt, hier geht eine Maschinerie los, Polizei muss schneller handeln, ja, das ist jetzt nicht so, hier, was du siehst, mein Klappfahrrad wurde geklaut und das hat noch einen Wert von 40 Euro, aber ich bin da ganz nostalgisch, weil da auch hinten ein Fuchsschwanz dran war und so weiter, dann geht das bei der Polizei so, ja, wir machen jetzt keine Ringfahndung und so weiter für dieses Klappfahrrad, aber jetzt hier Zeitungsbericht, Öffentlichkeit, Rechtsextremismus, Extremisten, Gewalttat, Krankenhaus, Ehrenamts, Bürgermeister, wow, da ist ein Pfund drin, Leute, ja. Vorladung relativ schnell gekommen für mich, angerufen und gesagt, ich komme nicht, ich habe Angst, mich selber zu belasten, außerdem weiß ich nicht mehr, weiß ich nicht mehr, was los war, ja, ist immer so eine generelle Ausrede, die dann so kommt, Polizei sagt, ja, okay, alles klar, schreiben Sie in die Akte rein, Staatsanwalt, wahrscheinlich sich gleich reingehängt, war ein Staatsanwalt, der sehr, sehr lange für mich zuständig war, heißt so wie ein Körperteil, das Sie jetzt sehen können von mir, könnt Ihr auch mal raten, ja, ja, ratet mal, ich mache kurz Pause, 3, 2, 1, okay, fertig geschrieben, ich kontrolliere das dann mal. Wurde ich vorgeladen zum Staatsanwalt, Staatsanwalt, der schon sehr, sehr viele Verfahren gegen mich geführt hat, oft sehr schlecht, muss man auch mal dazu sagen, ist, glaube ich, die große Karriere dann auch vergönnt geblieben. Ne, große Karriere, ja, doch. Vorgeladen zum Staatsanwalt, Staatsanwalt, Vorladung muss man hin. Staatsanwaltschaft, die für uns zuständig war, war in Schwerin, ich meine sogar, ich weiß sogar noch die Adresse, weil ich da so oft war, so viel Kommunikation damit hatte. Bleicher Ufer, glaube ich, ist das. Und vorgeladen zum Staatsanwalt, dort muss man dann hin. Und, ja, Strategie vorher überlegt, scheiße. Ich wusste jetzt auch nicht genau, was ist jetzt der Vorwurf mir gegenüber, ja, bin ich hier als Täter geführt, als Zeuge, man wird natürlich als Zeuge vorgeladen, das hat aber damit zu tun, dass man dann erhofft, dass man sich dann auch sabbelt und so weiter, weil wenn man als Täter vorgeladen wird, gehen die meisten nicht hin. Das war bei uns klar, dafür hatten wir zu viel Gerichtserfahrung, zu viel Erfahrung damit. Also hin. Und jetzt habe ich mir, jetzt habe ich mir das damals vorgenommen und habe gesagt, so, ja, okay, wenn ich da beim Staatsanwalt jetzt diesmal vorgeladen bin, diesmal werde ich den aufnehmen, ja, und habe dann, und habe dann dieses Gespräch mit dem Staatsanwalt aufgenommen. Das nehme ich schon mal vorweg. Diese Gespräche darf man nicht aufnehmen. Das wurde nachher so Mode bei uns, dass wir gewisse Gespräche aufgenommen. Das habe ich nachher immer wieder mal gemacht, auch im Bereich der Rockerkriminalität, auch wenn wir mit anderen Banden gesprochen haben, Dinge verabredet haben und so weiter. Oder auch wenn Polizeigefährdungsansprachen gemacht haben, habe ich diese Dinge oft aufgenommen. Ich bin dann zum Staatsanwalt rein. Das ist jetzt nun nicht so, dass man sich dort trifft zu Kaffee, Keksen, Tee und lasst uns erstmal einen schönen Plausch machen. Ich persönlich war aber nie so, dass ich aggressiv gegenüber Polizeibeamten oder Staatsanwälten oder Richtern war und so weiter. Ich wusste, dass das deren Job ist. Ich konnte das einigermaßen professionell trennen. Ich wusste, dass wenn ich diese Dinge nicht gemacht hätte, wenn ich kein Gewalttäter wäre, wenn ich kein Rechtsextremist wäre, kein Drogendealer wäre, dann wüsste ich, hätte ich mit der Polizei grundsätzlich nichts zu tun, außer ich werde mal wieder am Steuer erwischt mit dem Handy oder so. Aber dann ist das auch wieder meine Schuld. Also Begrüßung auf ganz professioneller Ebene, sage ich mal, von Gewalttäter, Extremist zum Staatsanwalt. Taktik, völliges Dummstellen meiner Person, dass ich mich da hinsetze und dann auch so, wenn ich das jetzt so reflektiere, ich erinnere mich noch relativ genau, wie ich da saß in diesem Stuhl und er an seinem Schreibtisch und dann dieses Dummstellen so, dass ich dann so sagte, so, ja, wieso muss ich jetzt hierher? Ich habe auch was anderes zu tun, als jetzt hier so meine Zeit so zu verbringen. Ja, nun hören Sie mal zu, Herr Schlaffer, es geht um den Vorfall hier bei dem und dem Dorffest. Da gibt es einen Schwerverletzten, der im Krankenhaus behandelt worden musste und ihr Name ist hier in einem Kontext dauerhaft gefallen und so. Ich so, ja, war ich da? Ich sage, in welcher Funktion waren Sie denn da? Und da muss man jetzt so ein bisschen aufpassen, was man da so sagt. Ich sage so, ja, wir waren da, eine Bekannte von uns haben da sozusagen Security gemacht. Ja, es wurde gesagt, Sie haben da Security gemacht. Ich so, nee, ich war da nur, ich war da nur so als Gast oder ich weiß ja nicht, als die Polizei da kam, haben sie das nicht gehört. Polizei hat die nicht gesagt, was ich dachte. Ja, doch, sie waren alkoholisiert oder so aus den Akten so heraus. Ich will das Gespräch jetzt auch nicht zu intensiv machen und man stellt sich so mega doof, ja. Und dann so, ich war ja dann schon so in dieser Arroganz drin, so, ja, dann beweist mir das doch. Ja, beweist mir doch, dass ich da als Security habe. Wie willst du das machen? Ja, Bürgermeister hat uns nicht gebucht über eine andere Firma, die wird auch lügen. Ja, wer wird schon ein Bild gemacht haben, wie ich da mit Security-Weste rumlaufe und selbst wenn, ja, ich kann heute, ich kann heute auch zum Aldi gehen mit einem Security-T-Shirt an, mit trotzdem keine Security, ja. Also Heidi hier, unser kleiner Dackel hat auch so ein, so ein Pullover, wenn sie raus geht, steht auch Security drauf. Ja, also, ähm, und dann so mit dieser Arroganz, so, ja, das ist dann so ein intellektuelles Battle, ja, dass man dann so tut, so, ja, weiß ich nicht, nee, hab ich keine Ahnung und dann, ja, aber sie sollen dann um 22 Uhr auch mit dem Bürgermeister gesprochen haben, sag ich, ja, ich muss dazu auch sagen, ich hab ein starkes Alkoholproblem, hab ich gesagt, ich bin, ähm, ich bin Alkoholiker, besonders, ähm, so Wochenend-Alkoholiker, da erinnere ich mich nicht dran. Ja, wissen Sie es nicht oder erinnern Sie es nicht? Ich sage, ja, ich weiß es nicht und ich kann mich nicht dran erinnern. Ja, also dann gibt es so Spitzfindigkeiten und so weiter. Immer wieder in dem, in dieser Sache so, dass ich mir bewusst bin, ich nehme das auf und der Staatsanwalt dann so, mir reicht das mit Ihnen und so weiter und ich sage Ihnen, hier werde ich Sie diesmal festmachen. Ich sage Sie, ich kriege Sie, ich kriege Sie niemals, ich gehe davon aus, dass Sie bei der Gewalttat dabei waren, dass Ihre Gruppe das war, bei der Sie waren und, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, diesmal nageln wir Sie fest und das werden Sie, damit werden Sie durchkommen. Und ich dann so, ich so, drohen Sie mir und, ja, also ich wollte natürlich so auf Band, ich wollte so dann die große, die große Show machen. Ich sage, drohen Sie mir und so, das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen. Ich sage, das klingt aber für mich wie eine Drohung. Ich sage, wollen Sie sich nicht mehr an Gesetze halten? Wollen Sie jetzt hier Beweise so manipulieren und verfälschen, wie Sie das für richtig halten? Und dann, ja, also, dann, dann kriegt man dann auch das so raus, so, das Beide so das Professionelle verlassen. Also jetzt bei mir natürlich, ich fahre sowieso jetzt nicht der Professionellste, aber dass man den dann auch dazu bekommen hat, dass er diese Professionelle Basis, ähm, verlassen hat. Ja, und ich sage, ich sage jetzt hier gar nichts mehr. Ich sage, ich will erst mal einen Rechtsbeistand und, ähm, ich sage, Sie haben mich hier noch als Zeuge vorgeladen. Ich fühle mich jetzt, dass Sie mich hier wie einen Täter befragen. Äh, hätten Sie mich nicht aufklären müssen über meine Rechte und dann kackt man ja so drauf los, ja, so. Täter jammern dann ja auch immer rum, na, die Polizei hat mich zu hart angefasst, die Polizei hat durchsucht oder was weiß ich. Und, äh, das ist dann immer so ein Gejammer, da war ich auch dann sehr gut drin, so, ja, äh, wieso werde ich so ungerecht behandelt, ja, aber dass ich alle Menschen und alle Kacke unrecht behandelt habe, das war mir immer völlig scheißegal. Ich wusste das so ganz, ich weiß so, was ich gesagt habe und so und dann hat er gesagt, ja, ich sage Ihnen hier, lass dich nicht nach, hier, hier, hier wird es Ermittlungen geben und so weiter und dann, ja, dann werden Sie demnächst vorgeladen hier mit, ähm, dann suchen Sie mal Ihren Anwalt, dann soll er mich kontaktieren und ich wusste ja, welchen Anwalt ich da wieder nehme und, ähm, ja, ähm, der viele so aus der Szene dann so, ähm, verteidigt hat, der Verstorbenesrechtsanwalt Mahnes war, ähm, ja, war jetzt kein, war jetzt selber kein, ähm, kein politischer Anwalt, aber, ähm, war schon ein sehr, sehr guter Anwalt. Und, ähm, ich erinnere mich noch so, beim Rausgehen kann man so diese Gemeinheiten dann auch nicht so lassen und ich sage so, ja, vielen Dank, dass Sie mir eine Zeit verspendet haben und ich, Mensch, ich habe mal die Frage so, ein viel kleineres Büro haben Sie hier, haben Sie für sich hier nicht gefunden, scheinen Sie ja hier in der Staatsanwalt nicht so ein hohes Ansehen zu haben. Ja, mit solchen Dingen habe ich das damals gar nicht verstanden, wenn man so, wenn man so mit diesen Gemeinheiten und wenn man so mit so Beleidigungen kommt, ich wusste natürlich, dass ich nicht jetzt sage, du Hursohn oder was weiß ich oder, ja, sie, ja, das Niveau wusste ich, okay, das zieht eine Einzeige nach sich und so weiter und, ähm, ja, habe ich das so versucht zu machen, ja, ist heute auch so dumme Kommentare, auf die man so verzichten kann, aber da fühlt man dann sich so auch, jetzt muss man auch eine Spitze loswerden, man muss auch gegen beleidigen und so weiter und habe dann auch so dieses Professionelle, wo ich gesagt habe, okay, ich versuche mich im Zaum zu halten, dann auch verloren. Das muss ich auch dazu sagen, immer wieder, wenn ich erstmal so in die Spirale reinkam, dass ich labere und beleidigen will, dann komme ich da auch ganz schwer raus. Ja, raus aus dieser Sache, ich wusste, scheiße, ja, hier werden, hier werden Täter gesucht, es war klar, bei der Polizei liegen überall die Bilder, ähm, von uns, immer wieder wurden wir vorgeladen zu neuen Bildern machen, ja, wenn jemand sich auch verändert hat, ja, von Glatze zu Scheitel oder sonst was, äh, welche Tattoos und so weiter, wurde immer jede Anzeige dazu genutzt, natürlich vorzuladen, neue Bilder zu machen, Fingerabdrücke zu nehmen und so weiter. Ähm, ich kann dazu sagen, ich weiß natürlich, wer damals die Täter waren, ähm, in dieser Sache ist es nie zu einer Verurteilung gekommen, ähm, ich hoffe natürlich, ähm, dass das heute gut verdaut worden ist und dass, ähm, diese Dinge in Zukunft nicht passieren, ähm, deswegen mein Appell immer wieder, ähm, nehmt ordentliche Firmen, die sowas machen und, ähm, nicht, ähm, Milieu-Leute, die dort dafür keine Ausbildung haben, keine Deeskalation können, ähm, ähm, Gewalt in Wort ausüben und, ähm, Gewalt mit, ähm, Körper ausüben. Ja, scheiße nervt einfach, scheißt für die paar Euro und so weiter und kein Bock mehr drauf. Aber es sollten natürlich auch immer wieder noch die großen Goa-Feste sein, ja, der Danilo hatte seine Finger mit drin bei Goa-Festen, wo wir dann hinfahren, wo wir, ähm, sehr lange arbeiten konnten. Da waren dann Schichten 12, 16, 20 Stunden teilweise, wo Maik und ich auch höheren Stundenlohn abkassiert haben, 10 haben wir an die anderen weitergegeben, wir haben 15 oder 20 kassiert. Da macht das Geldverdienen dann richtig Spaß, ja, besonders dann auch, wenn, ähm, so gewisse Mallegrößen aufstehen, äh, auftreten und so weiter, ja, wo wir dann hingefahren sind, ähm, ich hab da sehr, sehr unangenehme Leute kennengelernt, sehr, sehr coole Leute, die sich nicht wichtig genommen haben, ganz kleine Stars, die sich mega wichtig genommen haben, ähm, sind dann auch zu diesen Goa-Festivals, zu diesen Schlager-Festivals und so gefahren haben, dort gearbeitet und, ähm, wenn der Danilo unterwegs war, der wie gesagt die rechte Hand vom Paten aus Rostock war, der Maik gerade, äh, zweimal fünf Jahre, äh, gesessen wegen Erpressung, Drogen und so weiter, ähm, ich aus dem Rechtsextremismus jetzt als Gewalttäter und, ähm, alles Mögliche, hat der Danilo uns abgeholt. Wir sind auf dem Weg zu, äh, einer Goa-Veranstaltung, äh, hat uns abgeholt, er ist damals, glaube ich, immer einen Q7 gefahren, hat uns dann abgeholt und dann sind wir, ähm, sind wir aus Wismar los, sind dann auf dem Weg gewesen, irgendwo, ja, wo dann diese Goa-Festivals da hinten irgendwie, wie heißt das, wie heißt das da, Bansko, Bansko oder so, irgendwo da war diese Indian Summer und Spirit und, äh, noch irgendwas, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, da waren wir so auf dem Weg und düsen dann die damals halbfertige Autobahn, die A24 runter von Wismar, von Wismar nach Schwerin, die war damals noch nicht fertig gebaut und dann rasen wir da lang. Unten hat die Polizei, ähm, gelasert und oben haben sie dann die zu schnell Gefahrenen abgehalten, wo wir zur Ausfahrt runterkommen und er natürlich mit dem Q7 reingefahren, ich muss da sagen, im Straßenverkehr waren wir auch alles völlig, die Hooligans und, ähm, sind dann in diese Polizeikontrolle gekommen, waren gerade alle auf dem Weg zu dritt zu Security, alle Security, so diese Weste an, sind alle angezogen, ähm, sitzen zu dritt in diesem Auto, gelasert unten, oben an der Autobahnausfahrt rausgezogen, Polizei kommt schon, guckt ins Auto und sagt, schöne Scheiße, aber wie das weiterging, der Polizeikontrolle, wie auf dem Weg zu Security, das erzähle ich euch beim nächsten Mal, da werdet ihr euch wundern. Also Leute, vielen lieben Dank, Daumen hoch, Daumen runter, Abo, macht, was ihr wollt, ihr könnt ja alles kostenlos konsumieren, ihr könnt uns aber auch unterstützen mit der Kanalmitgliedschaft oder bei Patreon, die Links sind hier unten alle drin, ihr könnt ganz unterschiedliche Sachen, wer uns auch mit Technik unterstützen möchte, es gibt eine Amazon Wishlist, ähm, keine Ahnung, wir brauchen noch ein bisschen Technik, wir installieren gerade auch einen neuen Arbeitsplatz für jemanden, für den, ähm, für den Martinin, der hier die Kamera betätigt, den werdet ihr auch bald kennenlernen. Ähm, Extremistlos ist der Verein hier dahinter, wo wir Antigewaltarbeit machen, Prävention gegen Rechtsextremistlos, wenn ihr Lust habt, dass wir mal an die Schule kommen, Fortbildung für Fachkräfte machen zum Thema Rechtsextremismus, dann schreibt uns gerne eine Mail, guckt euch die Homepage an. Das Buch ist vorbestellbar, Hass, Macht, Gewalt, Drömer, Knauer Verlag, ab dem 1.4., keine Ahnung, wann dieser Teil kommt, ist dann in allen Buchhandlungen, es ist bestellbar bei King of the Kongs mit Signatur, mit Widmung, also vielen lieben Dank, Leute, die meisten haben mich schon wieder ausgeschaltet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verbleibe mit einem Ahoi von der Küste. Moin Leute, da melde ich mich mit dem fünften Teil Multikriminalität, Multikriminell. Ja, es ist, äh, ist auch eine spannende Phase in meinem Leben, die Vorstellung davon, okay, man lernt immer mehr Leute kennen, ja, besonders, äh, an Danilo klem ich mich schon ein bisschen dran und, ähm, beginnen auch die zarten Bande einer Freundschaft, ähm, äh, der Danilo natürlich schon auch 10 Jahre Erfahrung im Milieu oder 10, 12 Jahre, dass, äh, Leute, die lange Erfahrung im Milieu haben, die tun sich sehr, sehr schwer, das Wort Freundschaft zu benutzen, ja, ähm, bis man da jemandem vertraut, jemand, der einigermaßen clever ist, der ein bisschen Menschenkenntnis hat und so weiter, der benutzt das Wort nicht so inflationär, ähm, ich bin sowieso immer sehr, sehr kritisch, wenn Leute so nach dem ersten, zweiten Kennenlernen sagen, so, oh, ja, mein Freund oder, äh, oder ja, ist ein guter Junge und so weiter, oh, 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 das dauert lange, bis man das irgendwie rauskriegt bei jemandem, wer, wer gut, wer nicht so gut ist oder wer vielleicht auch böse ist, so wie ich zu dem Zeitpunkt. Ja, wir sind auf jeden Fall unterwegs, auf dem Weg zu Goa, ich hab das erzählt, letzter Teil, ja, an der Autobahn, Polizei, hier mit ihrem mobilen Blitzer und dann 100 Meter weiter bei der Autobahnausfahrt wird man angehalten, Polizei kommt dran, ähm, macht das Auto auf, guckt schon so rein und sagt, ach, du Scheiße, ja, also der Mike, der Mike hinten drin, äh, Danilo fährt, ich auf dem Beifahrersitz, guckt so rein, ähm, grundsätzlich wir sowieso schon keinen Bock da drauf, da hin, ähm, Danilo hat uns schon immer ganz coole Orte so zum Arbeiten besorgt, aber Mike und ich natürlich absolut keinen Bock da drauf, aber das Geld, das Geld macht halt schon Spaß und wir haben ja auch wieder auf unsere Chance gelauert, irgendwo dort, ähm, mit ein bisschen Eintrittsgeld zu betrügen und so weiter. Jetzt war es auf jeden Fall erstmal so, dass, ähm, dass die Polizei, ähm, an den Wagen rangekommen ist und dann erstmal, ja, äh, Fahrzeug, äh, Fahrzeugpapiere, Führerschein und, äh, wenn sie haben, geben sie auch nochmal gleich ihren Personalausweis, ja, und natürlich, wie das so bei Gangstern so ist, wenn man das so braucht, die gehen natürlich erstmal in die Offensive und sagen, ja, was soll denn das jetzt hier, ja, sie sind zu schnell gefahren, ne, bin ich nicht, doch, wir haben unten gelasert und, äh, sie waren, was sehe ich, äh, 17 kmh drüber und so, ja, dann machen sie doch fertig, schreiben sie ein Ticket, schicken sie mir das nach Hause und dann kriegen sie ihre, ihre 20 Euro, wobei ich dazu sagen muss, im Geld kassieren war der Danilo ganz weit vorne, aber wenn es darum ging, auch nur 5 Euro auszutüten, ja, also besonders an solche Sachen, ja, da versucht das Ticket an jemand anderes abzudrücken, dass der angeblich gefahren ist oder sonst was, also der hatte, da hatte der wirklich hier sowas wie eine Mausefalle in sein Portemonnaie, wer da versucht hat, mit dem Finger reinzugehen, hat die sofort zugeschnappt und da war gar nichts möglich, also Polizei erstmal ran, ähm, geht ins Auto, wir sitzen, ach, so eine Scheiße, so startet der Abend jetzt schon mal richtig gut, ja, Laune voll im Keller, ähm, ja, die anderen sind wahrscheinlich irgendwie am Feiern und ich sitze mal einen Freitagabend irgendwie auf dem Weg zu so einem Kack-Goa-Fest, wo drauf ich so überhaupt keinen Bock habe zu der Zeit, ja, waren für mich irgendwie so alles tanzende, Drogen einwerfende Hippies, ja, die dann irgendwann abgenervt haben und ich wollte viel lieber mit den Jungs unterwegs sein oder auch, äh, mit einer Perle, mit der ich damals zusammen war, na gut, Geld muss irgendwo herkommen. Jetzt war es dann so, dass dann der, die Polizei das durchcheckt, aber der, äh, der Polizist dann ja auch so ins Auto geguckt hat, ja, und ich glaube, das kann ja der ein oder andere Polizist, weiß ich ja, oder aus der Justiz, die lesen ja eh mit, die ja auch so einen Blick drauf haben, okay, dieses Auto ist etwas anders als die Autos, die ich sonst kontrolliere, ja, die Gesichter kenne ich, ähm, die Typen, die da drin sind, sind jetzt nicht die vertrauenswürdigsten und so weiter und dann kam der Polizist zurück zum Auto und sagt dann so, ähm, ja, von den, ähm, von den beiden Mitfahrenden würden wir auch gerne den, den Ausweis haben, wie so, ja, wie so, wie so von uns, wir sind nicht gefahren, hier geht es doch um eine Geschwindigkeitsmessung und da hat er, ich weiß nicht genau, wie man das sagt, dann hat er gesagt, ähm, jetzt, jetzt ist es aber hier eine, eine Maßnahme, was weiß ich, und, äh, geben Sie jetzt Ihren Personalausweis, weisen Sie sich jetzt aus und dann geht man ja immer so ganz hart, so, nee, weiß ich nicht, hab ich nicht mit, ja, dann müssen Sie mit zum Revier kommen, bis wir das, äh, bis wir Ihre Identität festgestellt haben, dass jetzt hier eine Maßnahme, in die Sie geraten sind und, äh, Sie müssen jetzt Ihre Personalausweis stellen. Das ist dann immer so ganz lustig zu beobachten, das habe ich so ganz, ganz viel, so, ja, dass man dann erst so einen harten hat, bevor es heißt, okay, der Abend, vielleicht werde ich ja sie gleich mit aufs Revier genommen und so weiter, scheiß drauf, dann hier mein Perso, Mike so Perso, ich mein Perso und er geht zum Polizeiauto und dann zieht sich das, wir sitzen dann im Auto, ein Sneakers rein, Schluck Coke Light, ganz wichtig, ja, naja, war bei der Phase, gerade bei mir da nicht, da war ich echt gut im Futter, ey, und, ähm, haben wir gewartet und gewartet und ich denke mir so, meine Güte, ja, Stimmung echt so auf dem Arsch, dann Daniel auch so Fenster runter und sagt, Mann, wir wollen weiter, wir haben Termin, wir müssen 22.30 Uhr da auf einer Veranstaltung sein und irgendwann echt so, ich sag mal so, nach, nach 10 Minuten oder so, kommt, äh, kommt von unten, die gelasert haben, haben wir aus dem Auto gesehen, bauen die unten den Laser ab, die haben da ja auch so ein Dreifuß, ne, äh, wo sie dann so diese Laserpistole so auf die Autos richten, haben die abgebaut, alles relativ schnell und dann sind die auch mit, mit, mit Blaulicht, aber ohne, ohne Sirene, sind die mit Blaulicht hochgefahren und sind auch zum Auto gekommen und haben sich dann hinter das Auto gestellt, vorne waren dann die anderen und standen dann auch so am Auto, ich will jetzt nicht sagen, mit der, mit der Hand an der Waffe, aber schon, ich sag mal, eine, 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 eine gesunde Grundanspannung so, ja, und es war dann auf jeden Fall so, dass, ähm, nach einer, noch einer noch längeren Zeit, irgendwie, das zog sich so, ich hab gedacht, Alter, wie lange will der ein Ticket schreiben und schreibt er das hier oder schreibt er das mit einem Bleistift, muss er das malen, ja, weiß ich, Ticket malen nach Zahlen oder was geht's jetzt hier, ja, wir haben uns schon Sorgen gemacht, ey, was, wer weiß, wie das hier weitergeht, ja, dann fragen sie so Gangster natürlich, okay, hat einer von euch einen offenen Haftbefehl oder, oder suchen die uns oder, oder was ist das jetzt, ist das hier eine Zufallskontrolle oder nicht, das ist nämlich die Paranoia, die da zuschlägt, alle, die meinen so, ja, Kriminalität ist ja so mega cool und so weiter, da jeder, der einigermaßen aktiv in der Kriminalität war, egal ob ein Drogenhandel, Waffenhandel, was weiß ich, Prostitution, scheißegal, Einbruchsband, was weiß ich, Autoschieber, egal was, die Paranoia ist immer da und egal, was passiert, man wittert immer eine Verschwörung, ja, Hashtag Verschwörungstheorien und dann macht man sich da richtig die Sorgen, irgendwann kommt dann der, kommt dann der Cop so zum Auto und sagt so, ne, Fenster runter und sagt so, also passen Sie mal auf, ich hab echt schon, ich hab macht diesen Job schon echt zwei Jahrzehnte oder so, hat er gesagt und sagt so, ich hab noch nie, noch nie ein Auto angehalten wie dieses Auto. Ich hab ihre Namen und ihre Daten durchgegeben und hab ich Rückmeldung bekommen, welche Vorstrafen hier in diesem Auto sitzen. Ich weiß, das muss ja so sein, dass man das dann durchgerattert bekommt, wenn man die Namen der Insassen durchgeht, um was für Gefährdung oder was weiß ich, was da geht und er hat gesagt, hier ist ja alles dabei. Hier ist ja von Körperverletzung, Drogenhandel, Schutzgelderpressung, Paragraf 86a, Volksverhetzung, Verwendung, Verwendung, Verstoß gegen das Apothekergesetz, das ist mir so, das ist mir so hängen geblieben, weil wir so in dem Auto saßen und dann sagte er so, ja, was ist ein Verstoß gegen das Apothekergesetz, hat der, hat der Polizist auch gefragt, ne, keine Ahnung, weißt du, und dann hat er gesagt, das ist ja, wo wollen Sie denn hin? Ja, also was ist das, was ist das Ziel Ihrer Reise, ja, hier zu dritt? Und wir so, ja, wir machen nachher hier Security bei der Goa Festival. Der hat gedacht, was? Ja, also er hat erst mal 10 Minuten gebraucht, alle Informationen sich von der, was weiß ich, von der Leitzentrale durchgeben zu lassen und dann sagen wir, wie alle schwerst vorbestraft, zwei von, zwei von den dreien gerade frisch aus dem Gefängnis raus, noch unter Bewährung und so weiter, fahren Security, machen auf dem Goa Festival, ja. Da hätte normalerweise jeder andere hinten rüberfallen müssen und es ist dann wirklich so geendet, dass er die Personalsachen weitergegeben hat und hat einmal, glaube ich, Kofferraum aufmachen lassen, ja, reingeguckt und hat gesagt, wir wünschen Ihnen eine gute, gute Weiterfahrt, äh, Ticket, äh, kommt per Post. Ein riesen Aufwand und die hatten alles abgebaut und so weiter, aber ich glaube, die waren völlig perplex, was sie da bekommen hatten und hier weiß man natürlich auch immer nicht, das muss ich auch mal dazu sagen, was viele nicht verstehen, so wenn sie so über die, über die Cops oder die Polizei so lachen und so, ne, und sagt so, ja, boah, da haben sie mich angehalten und so weiter und da wurde ich nicht kontrolliert, weil die Polizei Angst hat oder was weiß ich, das hat nicht damit zu tun, dass die Polizei der Angst hat den Fällen, sondern manchmal dürfen die einfach auch nicht. Da gibt es Sperrvermerke für gewisse Personen, dass dann bei so einem Zufallsfund, wie bei so einem Rasen mit so einem Ticket, dass dann laufende Ermittlungen vielleicht vom LKA, vom BKA oder was weiß ich von wem, ähm, dass diese Ermittlungen nicht gestört werden und diese Ermittlungen dann, was für sich, wenn man dann im Kofferraum zwei Messer findet und 300 Gramm Marihuana hat, dass dann die ganze, die ganze große Aktion von einer übergeordneten Behörde oder von einer wichtigeren Behörde, dass die dadurch gestört wird. Deswegen gibt es so sogenannte Sperrvermerke, weiß ich aber nicht so genau, ich bin jetzt selber nun kein Polizist, aber, ähm, so in die Richtung geht das, aber ich habe ja ganz viele Fachkundige auf diesem Kanal, die das hier gerne beantworten können, ob es das gibt oder nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, weil wir es, ich habe es in meinem Leben, ähm, zwei-, dreimal erlebt. Ab zur Goa, wow, richtig gut, genau meine Welt, ja, also, es ist dann immer, äh, dass man schon so ankommt, die ganzen Tage, es sind lange Schichten, ja, es zieht sich so echt so wie Kaugummi, wenn man da ist, ja, ähm, Hauptsache, ich muss dazu auch sagen, Maiko und ich auch ganz, ganz weit davon entfernt gerne zu stehen, ja, also, stehen ist echt nicht so mein Hobby, ähm, schon, wenn man, ich, ich kann gerne irgendwo sitzen und warten, da kann man mich echt hinsetzen und dann sitze ich da und lasse das echt über mich ergehen, habe ich auch im Gefängnis gelernt, das Warten, deswegen ja, Knast sitzen, da lernt man echt das Warten, aber so, Philipp, stell dich da mal hin und warte mal eine Stunde im Stehen, boah, da tun mir nach, nach ein paar Minuten, tun mir die Beine weh, Rücken, da kriege ich auf einmal alles, alles, äh, ganz, da bin ich ganz weit vorne und deswegen, Maiko und ich immer danach gesucht, dass wir so uns rausgezogen haben, so aus der Sache, dass wir irgendwo die ruhigste Ecke genommen haben, ja, so am Anfang war das ja so und da viele junge Türsteher auch so, boah, ich will vorne eine Tür, die ganzen Taschen durchmühlen und alle abtasten und voll die Arbeit machen und so und wir so, ja, wir nehmen gerne den ganz hinteren Zaun und gucken, dass keiner über den Zaun steigt, wenn was ist, funkt durch, ja, Funke gleich ausgemacht, Scheiß drauf, weißt so, also wir waren echt die beschissensten Türsteher oder Doorman oder Securities, die man sich vorstellen kann, weil absolut mega kein Bock beim Geldkassieren ganz weit vorne, bei allem anderen ganz weit hinten, da hatte ich dann auch so, hatte ich dann auch so gar keinen Bock drauf, muss man sich das immer wieder vorstellen, natürlich, wir kamen dann auch auf diese Festivals und der Danilo, der hatte dann seine Finger auch so in den Firmen da mit, mit einer Niederlassung, die hatten eine Niederlassung in Potsdam, in Schwerin und so weiter und jemand hatte ja auch auf diesem Kanal geschrieben, besonders die Gore-Festivals, die ich genannt habe, die waren berühmt-berüchtigt für die oft rechtsextremen und kriminellen Türsteher, die das gemacht haben, ja, also ich glaube, das Motto von Gore-Festivals ist ja irgendwie Love, Peace and Harmony, irgendwie so, ja, ist das so, oder Love, Peace, Sex, Harmony, Drugs and no Rock'n'Roll, aber hier, umster, 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 irgendwie, keine Ahnung, ich kann das, keine Ahnung, es hat sich einfach für mich nie erschlossen, diese Festivals, das ist für mich, äh, war so einfach auch nicht meins, ich bin da auch nicht so körperlich, da sind ja, laufen ja auch echt viele, viele schöne Menschen rum, ja, aber das war so für uns, ja, die dann da so standen, so mit, äh, so T-Shirt, dann Ultimate Violence und, ähm, Cross-Fucking-Warrior oder so, ja, äh, war das so, das, 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 man hat gesehen, dass wir so deplatziert sind auf so einer Veranstaltung, ja, wir passen da einfach nicht rein, ähm, und die Leute, äh, äh, wollten ja einfach so eine gute Zeit und wir waren dann da und dann diese Firmen, ähm, hab ich dann immer mitbekommen, auch diese Veranstalter, die wurden dann auch regelrecht geknebelt. Der eine Veranstalter ist leider verstorben, der Christian Peseler, äh, genannt Pizza, der diese Veranstaltung damals, ich weiß gar nicht, aus der, äh, 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 aus der Traufe gehoben hat, ähm, dass der die gegründet hat und so weiter, der ist leider an Krebs verstorben hatte, ähm, der sehr viel, glaube ich, auch gelitten hat, sehr viel Geld erzahlen musste an dieser Türsteherführung. Das ist vielleicht auch mal eine Botschaft ganz wichtig an die Leute, die so Clubs machen oder Veranstaltungen machen und so weiter. Lasst ihr einen Fuß rein, kriegt ihr den nicht mehr raus. Wenn ihr dort, ähm, in eurer Veranstaltung, äh, Leute, die einen Hang zur organisierten Kriminalität haben, zur Kriminalität, in, äh, Bandenmilieus, in Rockermilieus und so weiter, wenn ihr die drin habt und ihr erteilt den Security-Aufträgen, ihr werdet die nicht mehr los. Ihr werdet sie nicht mehr los und sie greifen erst, äh, nach dem einen Finger, zwei Finger, es geht nachher um die Hand, es geht nachher um den Arm und nachher ist höchstwahrscheinlich wird die ganze Veranstaltung, ist man beteiligt oder die Veranstaltung wird weggenommen. Habe ich ganz, ganz oft erlebt. Deswegen immer wieder greift auf seriöse Firmen zurück, guckt, guckt an, äh, was für Leute arbeiten da und so weiter. Das ist, äh, einfach mal eine Botschaft, die ganz, ganz wichtig ist für Leute, die Veranstaltungen planen, machen und so weiter. Ja, ähm, sehr viel Milieu irgendwie da, ja, also alle wollen dann da so dran partizipieren, dass der Geldfluss von oben nach unten wird dann auch immer kleiner. Das ist normal, das ist das Türsteherprinzip oder, äh, Pyramidenprinzip, ja, oben kommt irgendwie noch was an und das wird dann immer, ja, immer mehr kommt unten, äh, immer weniger kommt unten an, je weiter das dann so irgendwie aufgefächert wird und, ähm, ja, viele dieser Türsteher haben es selber dann genutzt zum Feiern, ja, um, äh, um, äh, Frauen klarzumachen, ähm, Drogen zu verticken und so weiter und der Veranstalter wurde immer wieder, wurde immer wieder angepült. Ich muss auch sagen, dass es natürlich auch auf dieser Veranstaltung, wo wir hingefahren sind, war das ganz, ganz häufig, dass so dann auch aus Dänemark und Holland und so zu diesen Festivals gekommen sind, dass da dann auch die unterschiedlichsten Rockergruppierungen, der unterschiedlichsten Farben aufeinander getroffen sind, wo dann Mord und Totschlag auch auseinandergehalten worden sind, ähm, da war immer richtig was los, ist immer nicht nur, äh, Love, Peace and Harmony, wo ich vorhin gesagt habe, sondern da geht's auch mal wirklich rund, ja, da ist dann auch viel Geld im Spiel, das muss man auch immer so sagen, wenn du auf diesen Veranstaltungen, ich weiß nicht, was kostet ein Ticket da mittlerweile, 80, 90, 100, 110, 120, 150 Euro, was du siehst, für drei Tage, vier Tage oder so, und, ähm, du hast, äh, 5.000 Besucher, die nachher da, glaube ich, gekommen sind, drei, vier, 5.000 Besucher, kann man sich das hochrechnen, über wie viel Geld das geht, hier geht's um eine halbe Million plus Lizenzen für Getränke, für Essen, was weiß ich, Stände und so weiter, geht richtig Bargeld durch, an Abend die Tagestickets, wenn Leute da sich hin entscheiden, dort hinzufahren, auch Maik und ich immer wieder Leute durchgelotst, ja, also, so ein Bauzaun hat Maik und mich jetzt, äh, nur nicht aufgehalten, dass wir da nicht für ein paar Leute durchgeschleust haben und dann die Bändchen verteilt haben und so weiter und man hat natürlich Druck aufgebaut, ja, dieser Druck, der aufgebaut worden ist, über den können wir natürlich noch sprechen, ich kann euch das gerne mal erzählen, wie diese, ähm, besonders in dem Bereich der Gore-Festivals, wie da abgezogen worden ist, wie man die erleichtert hat und wie man sich dann auch in sowas reindrängt, ja, wie es dann so finanziell so läuft, auch ich war ja später dann beteiligt irgendwie an einer Diskothek, aber dazu kommen wir dann später alles noch. Ja, viel mehr gibt es da nicht zu sagen, wir werden später noch auf die Türsteherei-Sache kommen, es ist nicht immer die hochdramaturgische Sache, also, dass wir hier Action haben, es gibt immer wieder die Pöbeleien, aber da will ich nicht jedes Mal ins Detail mit jeder Pöbelei, dann müsste ich hier, äh, dann müsste ich hier irgendwie 200 Teile aufnehmen, äh, mit jeder Ohrfeige, mit jeder Pöbelei und so weiter, ähm, deswegen würde ich das jetzt hier ein bisschen runterfahren, ich hab's einfach gehasst, ich hab's auch runtergeschraubt, aber wir sollten nachher später nochmal auf das Thema kommen, wenn wir auch nochmal eine Türsteherfirma gegründet haben. Von den Veranstaltungen zurück, sollte jetzt im Bereich der Multikriminalität, sollte der Tom wieder ins Spiel kommen, den Tom habe ich schon mal in einer anderen Serie erwähnt, ich meine, es ist in der Einstieg, ähm, Rotlichtmilieu in der Serie, der Tom ist aus der Haft entlassen worden, ist, äh, nach meiner Meinung sowas wie ein Heiratsschwindler, ähm, sehr, 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 ein sehr, sehr glitschiger Aal, wie wir hier oben sagen, ja, dagegen ist ein Aal wirklich ein Pelztier, ähm, der sein Leben lang irgendwie auch so auf, äh, auf den Vorteilen der Leute so mitgeschwommen ist. Jetzt kann man sagen, ja, Philipp, du nicht oder was? Ja, na klar, aber ich muss euch ja die Person irgendwie beschreiben, immer wieder, größter Fingerzeig auf mich, aber auch die Leute drumherum ist ganz wichtig, das zu verstehen, wie viel kriminelle Energie da zusammenkommt. Diese Leute lernt man dann kennen, weil man in diesem Milieu aktiv ist, ja, das ist so, wenn man, wenn man viel zum Fußball fährt, jedes Wochenende lernt man Fußballleute kennen, ist man unterwegs mit kriminellen Leuten, lernt man immer mehr Kriminelle kennen, also das ist einfach so und so wird man dann halt auch multikriminell. Jeder schnackt einen an, Mensch, kennst du den nicht, wenn du was vermittelst, Mensch, kriegst 10%, ich geb dir 500, wenn du das und das wegticken kannst, so einfach funktioniert das, also das ist dann auch nicht unbedingt Weltraumphysik, über die wir hier sprechen. Der Tom auf jeden Fall, äh, aus dem Knast raus und langsame, zarte Bande der Freundschaft, ich konnte den echt gut leiden, ja, das war irgendwie so ein Typ, mit dem man lachen konnte, der hatte einen sehr, sehr guten Humor, es würde sonst ja auch nicht funktionieren, dass er Frauen bezitzen könnte oder auch Menschen drumherum, ein Betrüger muss eine gewisse Charismatik haben, der muss reden können und so weiter, weil einfach nur, äh, Leute zu betrügen ist nicht, die müssen belabert werden, die müssen beeindruckt werden, da muss man eine Show draus machen und das konnte er auch sehr gut sich verkaufen und wir hingen dann zusammen, wir hingen dann auch zusammen ab, er selber hatte aber auch, hatte aber auch Geld, Gelddruck, äh, Druck zu verdienen, er wollte natürlich auch jenseits von Hartz IV leben oder von so gewissen Zuwendungen, wenn er irgendwelche älteren Damen beglückt hat, dass er das Geld so, dass er da so ein Taschengeld, äh, bekommt, sondern wollte natürlich auch in einen ganz anderen Lebensstil rein, also ich sag jetzt mal, in ein Hotel, äh, zum, zum goldenen Schnitzel, drei Sterne, wäre der nicht eingecheckt, ja, also es müssten schon goldene Wasserhähne sein, Kronleuchter und, ähm, Champagne für alle, ja, und da muss man natürlich was für tun, da war er auch sehr umtriebig und hatte natürlich jetzt auch unsere Gang so kennengelernt, ähm, der Mike war immer so ein bisschen dünnhäutig so bei ihm, ja, da hat er immer schon gesagt, so, ach du scheiße Laberer und so weiter, aber wir wollten, wir wollten wieder glauben, jetzt komme ich wieder dazu, was ich immer wieder sage, ich bin ein Believer, ja, wenn ich Leute mag und die sind in meinem Umfeld und die erzählen mir was, dann gehe ich davon aus, das ist die Wahrheit, warum solltest du mich anlügen und ich möchte das glauben und ja, lass uns das machen. Und der Tom hatte halt immer ganz andere Ideen, der war jetzt nicht so ein Krimineller, der sagte so, okay, wir müssen, äh, wir müssen mit, äh, mit Knarre irgendwo, äh, rein, wir müssen mit Knarre irgendwo rein stürmen, wir müssen, äh, was will ich, das mit Gewalt machen und so weiter, sondern wir müssen da viel mehr in die Betrugsmasche rein, Wirtschaftskriminalität, wir müssen, äh, in viel größeren Maßstäben denken und da ran. Ja, das hat natürlich schon immer so, so ein bisschen, äh, haben wir schon ein bisschen belächelt, ja, der dann so Taschengeld bekommen hat von so einer etwas reiferen Frau, der dann davon redet, so Millionen, so Millionen war für ihn dann auch immer so Beträge, die so, ja, so, überhaupt kein Problem, dann machen wir da zwei Millionen und so weiter und, äh, dann hört man schon das Augenrollen, ich hab's ihm direkt ins Gesicht gezeigt, meinen Augenrollen, ja, also, vielleicht sollten wir erstmal anfangen, dass wir vielleicht 10.000 verdienen oder so, ja, oder du vielleicht überhaupt erstmal 1.000 Euro verdienst, bevor wir im Millionenbereich denken, okay, aber dann kam die große Sache auf, über die dann, ähm, die wohl auch schon ein paar Mal funktioniert hat und das ist dann, das ist dann auch so eine Sache, ähm, die wir dann als erstes Funktion, die wir ausprobiert haben und da hat er gesagt, er würde gerne einen Barkreditbetrug machen und da habe ich mir das erklären lassen und sagte so, ja Mensch Philipp, hast du nicht ein, zwei Leute, äh, die hier mitmachen würden, wenn wir einen Barbetrug machen? Ich sag, ja, wie, erklär mir mal, wie das funktioniert und dann war das so, dass er mir dann gesagt hat, okay, wir, wir brauchen jemanden, der da mitspielt, dessen Identität fälschen wir, ich hab jemanden, der macht Personalausweise, einigermaßen glaubhaft nach und dann brauchen wir ein Haus, wo wir, wo wir Briefkästen ranschrauben können, wo dann die Post hingeht, dass wir die Post abfangen können, wenn die zu den und den Personen hingeht. Ich sagte so, okay, läutet mir nicht nur noch ganz ein, okay, wir brauchen den Datensatz von irgendjemandem, lassen ein Perso, ähm, machen, das war relativ, also natürlich, wenn man ihn, wenn man es wusste, der ist gefälscht und man hatte ihn in der Hand und man ist nicht, man ist nicht der größte Blebo auf, auf der Erde, dann hat man das schon gesehen, aber die Qualität war für das, was man bezahlt hat, 50, 100 Euro oder so, war die Qualität ganz in Ordnung, es waren auch diese, äh, jetzt nicht mehr diese modernen Chipkarten, sondern, ähm, hier dieses Bubble, eingeschweißte Bubble Perso und ging es dann darum, ja, wir beantragen bei so Online-Banking, so Barkredite, was ich 5 oder 10.000 Euro, wir machen auf den Perso ein falsches Bild drauf, ja, und machen dann, nachdem das dann bei der Post so eine Identifikation, da muss man sich ja bei der Post seine, seine, äh, die Personalie muss man dann ja identifizieren lassen, ja, also da kriegt man ja sowas von der Bank zugeschickt, dann muss man mit dem Perso hin, dass das an die und die Adresse geschickt worden ist, kann man an der Tür machen, aber man kann auch zur Post gehen und das dort sozusagen verifizieren lassen. Klang für mich alles irgendwie, ja, okay, ganz schöner Aufwand für 5.000 Euro, ja, oder 10.000, er sagt, ja, wir können auch mit 20.000 angreifen oder 10.000, 15.000, ich sag so, ja, lass uns erstmal gucken, was das geht, es gibt genug Online-Banking, wo wir das nachher machen können und, ähm, wir hatten dann jemanden gefragt aus unserem direkten Umfeld, der später auch bei uns im Rockerclub sein soll, und hat gesagt, ja, geil, würde ich sofort mitmachen, was wollen wir, einen hohen 10.000, ich sag, ja, weiß ich, äh, du kannst 5.000 von dem Erbeuteten behandeln und den Rest behalten wir. Jetzt könnte man sagen, ja, so viel kriminelle Energie für so viel, aber wenn du das 8 oder 10 Mal durchziehst und ein Hunderter Schlappen irgendwie verdienst, dann setzt das Gehirn wieder aus. Was ist dann wieder passiert? Liebe Kommune, was ist passiert? Ja, Gehe frisst Hirn mal wieder. Ja, dann sind das auch wieder Zahlen, die man glauben möchte. Also, wir hatten sowieso diese Häuser, wo Werwolf-Club drin war und wo unsere Apartments dran war, also war überhaupt kein Problem, dort Briefkästen ranzumachen. Aber dann haben wir uns gedacht, okay, wenn die Polizei das nachher ermittelt oder sonst was und wir machen das an unsere Häuser ran, da sind wir aber zu nah dran, ja, da sind die Einschläge zu nah, also heißt es, okay, wir müssen dann mal gucken, dass wir irgendwo anders diese Briefkästen rangehen. Und dieser Vermieter, ich weiß nicht, wie ich den damals genannt habe, weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen, da sind wir natürlich hin und der hatte ja ganz viele Immobilien bis mal und haben bei dem einfach zwei, drei Briefkästen ran geschraubt und haben gesagt, so können wir da mal einen Briefkasten ran schrauben. Der war ja so schmerzfrei, der hat gesagt, ist mir egal, schraub ran da, weißt du? Und diese Methode soll auch schon mal funktioniert haben. Das hat damals so diese litauische Mafia, der Pate von Rostock, haben diese Masche wohl ganz viel gemacht, um Banken da auszunehmen und so ging dann die Reise los und so haben wir dann versucht, diese Daten zuschicken zu lassen und dass das auch losging. Aber wie das Ding nach hinten losgegangen ist, das werde ich euch, Freunde, das werde ich euch im nächsten Teil erzählen und was wir dann mit dem Tom gemacht haben, der Geld auftreiben wollte, dass wir nach Italien zur Sinti und Roma Mafia gefahren sind und so weiter und wir haben hier Häuser zugeschaltet. Das wird alles hier noch auf dem Kanal kommen. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei seid. Es gibt ganz viele, ihr habt das eingeblendet gesehen, das Buch ist draußen, Hass macht Gewalt. Schließt gerne eine Kanalmitgliedschaft ab, dort werdet ihr immer Informationen in den Hintergrund kriegen, werdet Bilder kriegen, Texte, Gerichtsurteile, alles Mögliche drum herum ist für die Kanalmitglieder und für die Leute bei Patreon, dass ihr das hier unterstützt. Guckt rein bei King oder den Kongs, der Verein dahinter ist extremistlos, e.V., der gemeinnützige Verein, dass wir hier versuchen, junge Leute heranwachsen, davon abzuhalten, ähnliche Wege zu gehen, denn Kriminalität, Extremismus führt nur in zwei Wege, führt ins Gefängnis oder in die Kiste. Das ist einfach so und ja, Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert gerne, ist mir scheißegal eigentlich. Ich freue mich einfach, dass ihr dabei seid und ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste. Moin Leute, da melde ich mich mit dem sechsten Teil, Multikriminell, Multikriminalität. Ja, der Tom ist sozusagen in meinen Freundeskosmos gekommen, ja. Ich hatte das von Anfang an gesagt, ich kann den ganz gut leiden, der konnte sich echt gut verkaufen, war charmant, war lustig, ironisch, sarkastisch. Könnte man jetzt so sagen, ja, voll die Werbung für den Typen, ja. Das ist ein Betrüger. Ein Betrüger muss gewisse soziale Kompetenzen haben, ja. Wenn ein Betrüger diese nicht hat, dann ist er als Betrüger nicht erfolgreich. Ein Betrüger findet ganz schnell heraus, welche Bedürfnisse man so hat, ja. Die kann der ganz schnell befriedigen und zusprechen, nach Maul reden und so weiter. Und da war der sehr gut drin. Und das hat mir auch ganz gut gefallen. Ich war zu dem Zeitpunkt sehr, sehr anfällig dafür, für Schulterklopfer und schöne Worte und große Sachen, die wir vorhaben und so weiter. Da war ich sehr, sehr empfänglich für und das hatte er ein ganz gutes Gespür für. Es war jetzt auf jeden Fall so, dass wir die S-Aktion gemacht haben. Es war jetzt auch der Übergang von Kameradschaft Werwolf zum Motorradclub. Das müssen wir jetzt immer so ein bisschen erzählen. Also hier hatten wir schon ein bisschen was mit der Motorradszene zu tun. Das wird einem anderen Erzählstrang erzählt. Wie gesagt, hier überschneiden sich ganz viele Dinge. Das ist so, das Leben wird ja nicht nach und nach abgearbeitet, sondern da laufen ja oft viele Dinge parallel. Und dass ich mich um Kriminalität gekümmert hat, dann um Motorradclub, dann um den Ausstieg bei der Kameradschaft Werwolf und so weiter. Deswegen seht mir das so ein bisschen nach. Auf jeden Fall hatte der Tom jetzt gesagt, diese Idee mit dem Kreditkartenbetrug, mit dem schnellen Kredit über so einen Barkredit, dass er jemand brauchte, der eine saubere Schufa hat und dass wir dann versuchen, mit einem gefälschten Perso dann dort einen Kredit über 5.000 oder 10.000 Euro zu erschleichen. Und wie das genau abgelaufen ist, versuche ich euch jetzt nochmal hier zu rekonstruieren. Ich muss dazu sagen, ich war hier von außen Zuschauer. Ich war sowieso nicht so begeistert davon. Klang für mich irgendwie so zu Wild West. Ja, da wird eine Bank drauf reinfallen. Okay, wenn eine Bank darauf reinfällt, dann hat die Bank echt keine Daseinsberechtigung. Aber wir wurden ja alle gut belehrt in der Finanzkrise, wozu Banken fähig sind, wie die mit Geld spekulieren, spielen und so weiter. Ist halt immer schön einfach, wenn man fremdes Geld verliert, Geld einem das einem nicht gehört. Wenn man das verliert, ist es halb so schlimm. Also es war jetzt auf jeden Fall so, ich hatte ihn dann an jemanden vermittelt, den Carlos bei uns aus dem Club, der nachher da auch eine Funktion übernommen hat und der hatte eine saubere Schufa. War sowieso gerade, gab es eine große Krise, die ich gerade angesprochen habe. Die Weltwirtschaftskrise, die Banken sind pleite gegangen. Lehman Brothers sagt uns allen noch was. Auch die Wismarer Werft damals, ich weiß gar nicht, wie sie hieß, Nordic Yards Werft oder heißt sie so heute, ich weiß es nicht, Wadernwerft und was weiß ich, wie die alles hieß. Die ist pleite gegangen. Also erst Kurzarbeit, dann Pleite raus. Ganz viele Leute entlassen, wozu die dann auch gehört haben. Ja, es gab dann so eine Art Übergangsgeld. Es gab dann Millionenkredit vom Land Mecklenburg-Vorpommern, um die Arbeitsplätze zu retten, zu stützen oder sozusagen wegzuverteilen. Die Leute, mit denen nicht in ein Loch fallen. Und es war jetzt ganz klar, dass einige auch ein Motorrad brauchten. Und dann spürte man schon den Druck. Ja, wenn wir einen Motorradclub machen wollen, dann auch mit Motorrädern. Ja, das war schon bei uns eine Sache, die wichtig war. Ich habe das auch ganz anders kennengelernt, die sehr, sehr lange in Motorradclubs waren, in sehr, sehr hohen Positionen, sehr bekannten Motorradclubs. Und ich sage mal so, die außer einmal auf einem Motorrad gesessen zu haben, wenn das geparkt hat, vor irgendeinem Café, sich einmal raufsetzen, ein cooles Bild machen für Insta und dann wieder runter. Das war nun nicht so ganz unsere Welt. Trotzdem war ich da mittendrin. Also, ich wollte schon ein Teil davon sein. Das sagt auch was über mich aus zu dem Zeitpunkt. Und das habe ich bei ganz vielen so kennengelernt. Ich habe da nicht so hundertprozentig dran geglaubt. Ich sage, das geht bei den Banken nicht durch. Aber wenn, wenn das funktioniert, dann will ich auch meinen Teil haben. Ja, also wir haben, der Maik und ich haben an den Tom den Carlos vermittelt. Und da war es für uns klar, okay, wenn es da 10 Mille gibt, Mensch, dann kriegen wir auch hier dann Tausender. Der Carlos kriegt dann auch 3.000, 4.000 und Tom bleibt dann auch 3.000, 4.000. Und das wollte ich mal sehen. Okay, wenn das klappt, ich muss dafür gar nichts großartig tun, dann why not? Also ging es jetzt darum, wir hatten an dem Haus die Briefkästen dran gemacht. Dann meldet man sich bei der Bank und dann kriegt man so eine Art Identifikationsbrief, ja, dass man sich an der Tür identifizieren muss. Oder man kann dann zur Post gehen und am Schalter, ja, bei dieser Schalterfrau oder bei dem Schalterherrn kann man sich dann mit diesem Perso und diesem Brief von der Bank, kann man sich sozusagen verifizieren lassen, ja, eine ID-Überprüfung oder so heißt das, glaube ich. Und dann ist der Brief halt da hingekommen. Die Person war natürlich nicht immer auffindbar, weil geklingelt, nicht da, nicht da. Irgendwann dann in den Briefkasten gesteckt. Und dann ist der Tom los, hat ein Perso nachmachen lassen mit, also anderen Meldedaten, ja, also der Carlos war da nicht gemeldet, aber er hat ein Perso machen lassen, wo der Briefkasten anmontiert war. Ja, hinten mit der Adresse drauf, ein gefälschter Perso. Und auf dem Perso, auf dem gefälschten Perso war natürlich nicht das Bild vom Carlos drauf, sondern das Bild von dem Tom. Ja, und der, da war natürlich, meine erste Frage war, okay, Digga, wenn das hier mal irgendwann auffliegt und es geht in die Ermittlungsbehörden, dann ist ja trotzdem dein Bild da. Ach, das ist egal, ich sehe so allerweltsmäßig aus, ja. Muss man auch erstmal gucken, Qualität von der Kopie, von der Post und so weiter, inwiefern das man nachher identifizieren kann. Ich habe da schon raufgeguckt und habe gesagt, ja Mensch, ich würde dich schon wieder erkennen, ja. Also auch wenn du bei mir beim Polizeirevier bist und Digga, du warst gerade zehn Jahre wegen Betrug im Gefängnis, zweimal fünf Jahre, würde ich schon sagen, dass man auf dich kommen könnte als Betrüger. Aber es wird immer alles so weggewischt, das habe ich auch bei ganz vielen Kriminellen schon erlebt, ja. Viele andere, die ja auch hier mitlesen, haben ja auch ganz viele unterschiedliche Dinge im Leben durch. Leute, wenn ihr auch sowas erlebt habt, kommentiert das gerne mal rein. Ja, Hashtag erlebt. Ja, das ist so ausgeblendet. Man weiß eigentlich, okay, wenn man jetzt gewisse Dinge macht, ist die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, relativ hoch. Aber die Gier, 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 ja. Und es soll klappen und man will auch jetzt nicht aussteigen, man will der Gruppe auch nicht sagen, ja, nee, hab ich jetzt keinen Bock drauf, machen wir nicht. Ja, dann zieht man trotzdem durch, obwohl man schon ein mulmiges Gefühl hat. Ja, auf jeden Fall kam dann der Perso an. Das war ja damals noch so dieser wabblige Perso, nicht dieses Checkkartenformat. Und da war ein Bild drauf und der fühlte sich schon okay an. Ich sag's mal, okay. Wenn man da jetzt genauer hingeguckt hat und den ein bisschen in der Hand hatte, hat man gemerkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Aber es war ja damals auch so das Problem, dass viele hatten ihren Perso auch, ja, mies behandelt, ja, inwiefern man so ein Dokument mies behandeln kann. Aber wurde mal mitgewaschen, mit auf dem Bau und sonst was, ja, Staub, Dreck, Wasser, Kaffee, Bier, Gin, Tonic, alles Mögliche drüber. Ja, und dann leidet der natürlich auch ein bisschen, ja. Das kennt man so, die Ecken waren so aufgeflattert da und so oft, dass man da schon, ich glaube, deswegen hat der Status auch umgestellt auf Checkkartenformate, ja, das hat ein bisschen höhere Wertigkeit, Haltbarkeit, ja. Und dann alle Aluhutträger da draußen, schneidet den Chip da raus aus dem Perso, dann seid ihr nicht mehr verfolgbar. Ja, und dann könnt ihr das so in der Polizeikontrolle dann auch begründen. Das wird mit Sicherheit durchgehen. Und dann ist er mit dem Vorsatz so los, dass er gesagt hat, okay, er geht dann zur Post und wird sich als Carlos identifizieren lassen mit dem Bild drauf und Carlos ist raus, weil der war das ja nicht. Und dann ist er zur Post rein, wie er das dann gesagt hat und hat gesagt, gut, ich suche mir da irgendwie so, ich suche mir so eine Art Opfer bei der Post raus, ja. So aus seiner Sicht wäre da so eine Opferangestellte sein könnte, die dann dort arbeitet und wo er sagt, okay, da wird das durchgehen. Er ist dann wirklich an den Schalter ran und hat diese Identifikation, also diese Autorisierung durchbekommen und konnte dann ein Konto eröffnen. Er hat dann dieses Konto auch eröffnet und damals gab es immer so Werbung von so Banken, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle sagen darf, aber ihr wisst, das sind so Banken, die so einen gewissen Ruf haben, nenne ich es mal, ja. Und da war das dann so mit Kontoeröffnung und mit freier Schufa gibt es direkt 5 oder 6, 7, 8.000 Euro. Das ging alles relativ schnell. Jetzt sagen die Leute, ja, das klappt nicht. Ich auch immer noch so. Ich sage, das wird nicht klappen. Und sie haben das Konto dann laufen lassen und dann hatte er halt, der Tom, der falsche Carlos hat dann auf dieses Konto, hat er einen, hat er einen Kredit beantragt. Es wurden dazu vier oder fünf Lohnbescheinigungen gefälscht, was so das geringste Problem ist für einen Betrüger. Lohnbescheinigungen sagen so gar nichts aus. Banken und so weiter sind nachher dazu übergegangen, nicht die Lohnbescheinigungen immer zu nehmen, sondern sich auch nachzuprüfen, ob Sozialbeträge gezahlt worden sind. Weil mit Lohnbescheinigungen wurde so viel rumgehurt, weil die kann man über ein Programm selber erstellen lassen, leicht zu kopieren, leicht zu fälschen und so weiter. Und dass dann Banken dazu übergegangen ist, dass man sich eine Bestätigung von seiner Krankenkasse hat geben lassen, dass Sozialbeträge auch bezahlt worden sind. War aber nicht so. Das heißt, alles kam in die Gänge und alle waren frohen Mutes. Ja, und ich will das jetzt heute ein bisschen, möchte ich das ein bisschen aufklären. Also ein riesen Aufwand, immer wieder Palawa, Palawa. Ich will dazu auch mal sagen, Tom, immer schöne Worte, schöne Worte. Ja, bla bla, nur Talk, no Action, ja. Und dann drängt das so ein bisschen in den Hintergrund. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ist ja so kein Betrug, den man so macht innerhalb eines Tages oder innerhalb von fünf Tagen. Das dauert. Beantragen, Konto durch und so weiter. Und die Post ist ja weiter an diese Fake-Adresse gegangen. Und ich bin jetzt nun nicht da einmal zu dieser Adresse hingefahren und habe die Post rausgeholt. Da hat sich natürlich der Tom drum gekümmert. Ich will mal sagen, wir hatten andere Dinge zu tun. Im Rotlicht, Türsteherei und so weiter und noch andere Projekte nachher nebenbei aufzubauen. Und er hat sich um alles gekümmert. Und dann fragt man ja irgendwann nach und sagt so, Digga, was läuft? Ja, ich habe Kredit jetzt beantragt. Warten wir mal ab. Ja, geht um Barkredit. Und irgendwann kommt er dann um die Ecke. Und hier kommt es auch zu einer Nachlässigkeit von mir und von Mike und auch von dem Carlos so, dass der Tom so um die Ecke und wir sagten so zu Tom, sagten so, Digga, was ist denn jetzt los mit dem Kredit? Ja, Scheiße, ist abgelehnt worden. Und dann so irgendwie, ja, Kacke, ich ärgere mich auch. Ich habe ja auch den Perso bezahlt, irgendwie mit 150, 200 Euro oder so. Hatte auch nur Schere rein. Ich habe mir auch das Geld verlassen. Ja, also so uns schon so ein schlechtes Gewissen gemacht. So, wir sollen jetzt nicht auf ihm rumhacken. So, ja, ich habe alles probiert. Ich hatte ja Geld mit euch geteilt und ist überhaupt alles kein Problem. Und dadurch, dass ich sowieso schon mit der Einstellung rangegangen bin und gesagt habe, ja, okay, drauf geschissen, Alter. Keine Bank der Welt wird auf diesen Scheiß reinfallen. Ja, ist es dann so, dass ich mir gedacht habe, ja, okay, er hat es versucht, war im guten Glauben sogar, ja, haben ihn dann sogar immer auch mal mit durchgeschleppt, wenn wir mal irgendwo was essen waren und so weiter oder auch was trinken waren. Und dann hat man halt, weil er das sich menschlich gut verkauft hat, hat man so darüber hinweg gesehen. Und um das jetzt aufzulösen, nicht damit das irgendwann mal untergeht. In dieser Serie möchte ich das jetzt schon auflösen. Also, er ist zu Mike hin, zu Carlos hin, zu mir und hat gesagt, er hat alles nicht geklappt, scheiße, Riesenaufwand und so weiter. Und ich glaube, ein Jahr oder eineinhalb Jahre später wird der Carlos, weil wir mussten natürlich seinen richtigen Namen benutzen, also die Person muss es dann schon geben, dass das nachforschbar ist und so weiter, wurde dann der Carlos unter seiner richtigen Meldeadresse von der Bank angeschrieben und wurde von einem Inkasso-Unternehmen gesucht. Ja, dieses Inkasso-Unternehmen hat sich bei ihm gemeldet, dass er die Kreditraten nicht zurückgezahlt hat für einen Barkredit. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, 8000 Euro. Ja, also wir haben wirklich erst eineinhalb Jahre später rausbekommen, dass der beschissene Kreditkarten betrug mit dieser Kreditkarte und mit diesem Konto, weil er hat dann eine Kreditkarte beantragt mit 2000 Limit und einen Barkredit über 5000, irgendwie so 7.000, 8.000 war das so zusammen. Hat der Hund, hat er uns alle belogen, kackendreist, man muss das sagen, alle drei, die er betrogen und belogen hat, waren alles Gangster, die alle bereit waren, ihn richtig zu zerdeppern, ist es rausgekommen nachher, dass er das Geld bekommen hat und hat uns allen abgesagt, hat nicht geklappt. Könnt ihr euch vorstellen, gab nachher schöne Strafzahlungen. Ich bin sogar der Meinung, dass es einen an den Ohren gab vom Carlos, dem Tom gegenüber, weil das hat dem Carlos die Schufa zerschossen. Da erinnere ich mich noch dran, dass die Schufa zerschossen war, was natürlich für jemanden, der ein Leben lang darauf achtet, dass man kreditwürdig bleibt und so weiter ist. Das ist ein Riesendrama, hat nicht 1 Cent damit verdient. Ich weiß, es ist jetzt so, man hat sich auf dieses Spiel eingelassen, war selber geldkirig, ist so, aber damit muss man erst mal rechnen, dass man mit jemandem zusammen einen Betrug plant, dann klappt der Betrug und dann wird einer der Betrüger vom Betrüger betrogen. Ich kann nicht mehr. Wenn ich da jetzt auch drüber nachdenke, finde ich das mega lustig. Ja, Schaden hat die Bank, hat aber, dass natürlich alles eingetrieben wurde, dann irgendwie bezahlt per Rate und sonst was, alles Riesendrama. Ich glaube, da haben die Banken dann auch gut daraus gelernt. Das war relativ, relativ einfach. Ich glaube nicht, dass diese Masche noch geht. Versucht es nicht, denn irgendjemand wird irgendwie irgendwann dafür bezahlen. Das sagt aber viel über den Tom aus, damit ihr wisst, über wen wir jetzt hier auch sprechen. Es war jetzt auch so, dass ich hatte mittlerweile noch eine Immobilie hier in Wismar gekauft und irgendwann kam der Tom dann zu mir an und der hatte eine Frau kennengelernt, die auch noch eine Rolle hier spielen wird. Nennen wir sie Tanja, der, die Tanja kennenlernt. Die Tanja, die Tanja saß im Gefängnis wegen, ich meine, wegen schweren Betrugs. Das sagt schon mal, ja, also da finden sich dann gleich und gleich gesellt sich gern. Sie war jetzt, glaube ich, 15 oder 18 Jahre älter als der Tom. Der Tom war so Ende 30, 40, wo ich mit ihm zu tun hatte und die Tanja dann, ja, halt Mitte 50, Ende 50. Er hatte sich dann an sie herangeschmissen, auch so Gigolo-mäßig, ja, hatte ich ja erzählt, Typ Heiratsschwindler und hing dann mit ihr ab. Sie kam aus dem Gefängnis raus, sie war vorher in der Immobilienbranche und hat mit irgendwelchen Leuten ganz viele krumme Geschäfte gemacht nach der Wende mit Immobilien. Da habe ich nicht genug Informationen drüber, hat mich nicht so interessiert. Ich habe da nicht drüber gewertet. Ich fand sie nur dafür, dass sie gerade aus dem Gefängnis irgendwie gekommen war und jetzt wieder, hat sie wieder ein Immobilienbüro aufgemacht. Ja, das ist dann sowieso immer, ist sowieso faszinierend für mich dann in diesem Staat so, ja, also wenn man gerade so aus dem Gefängnis kommt wegen Immobilienbetrug ist, dass man dann gleich wieder ein Immobilienbüro aufmacht. Das ist schon, halte ich für grenzwertig, wenn man auch mit vielen anderen, wenn man mit Geld und mit Vertrauen mit anderen Leuten zu tun hat, wäre jetzt eine Sache, die man, also das wäre so, als wenn ich jetzt so anfangen würde, in der Apotheke auch Marihuana verkaufen zu dürfen, wäre jetzt auch nicht unbedingt passend. Auf jeden Fall ein ganz, ganz komisches Duo so, ja, und hier, die hatten dann so eine Mischung draus aus Immobilienmakeln und Hausverwaltung, ja, Hausverwaltung wirklich nur so die Abrechnung machen, hatten dann so jemand anderes dann damit beauftragt, so die Hausmeistersachen zu machen und so weiter und da hingen die ab. Und die beiden, wenn man die so getroffen hat, die haben immer sofort über Hunderttausende gesprochen oder Millionen. Ja, also so Beträge, mit denen wir uns so abgegeben haben, da mal 5K oder auch mal den 500er mitnehmen und das Geld oder wenn was Größeres mal anstand, 10, 20 Mille, das war für die so alles Spielerei, ja, das ist so ein Bereich, in den wir gar nicht rein wollen und waren dann so ganz komisch. Und der Tom hatte sie mir dann vorgestellt und dann war das auch so, ja, hatte dann mir auch von ihr erzählt, ist jetzt raus, ist ganz erfolgreich, damals war, aber dann erwischt wurde und so weiter. Und dann hat er mich so in ihr Büro eingeladen, bin ich zu ihrem Büro gekommen und ich erinnere mich noch da, wie ich dann in diesem Büro saß, sie hatte ein Büro im zweiten Stock, Wismar am Markt oder so, komme ich so rein und der Tom dann so drumherum, das ist die Tanja da und ich so, ja, kann ich mir schon denken und dann, ja, hallo und ich hatte da ja schon, ich hatte immer ein bisschen Geld verdient, ich war, Maik und ich waren da mittlerweile ein bisschen frisch, wir hatten immer ein bisschen Cash auf Tasche, aber jetzt nicht übermäßig und kam sie dann halt an und hat sich mit mir hingesetzt, sie hatte große Dinge vor und sie bräuchte so Leute wie uns, die auch aktiv wären, die auch Geld verdienen wollten und so weiter. Und dann saß ich dann im Büro, ich sage so, ja, vielleicht ergibt sich ja was, wir sind immer nicht abgeneigt, dann Geld zu verdienen. Aber das erste Ding, was Thomas, Tom, was Tom gemacht hat, scheiße, egal, was Tom gemacht hat, hat ja nicht geklappt, zwinker, zwinker Tom. Und ja, nein, nein, sie hätte da jetzt ganz andere Dinge und als erstes hätte sie mal einen Vorschlag für mich, weil ich ja selbstständig bin, ich war im Tattoo-Laden und Rotlicht, alles selbstständig. Das erste Gespräch, was sie mir gemacht hatte, wollte sie mir Gold ansparen, ja, so Network, Marketing, Gold ansparen, Pyramide, Leute werben, die für die Altersvorsorge Gold kaufen sollen und so weiter. Ich sage, wo soll ich denn werben gehen? Bei mir im Werwolf-Club oder bei mir oder meinen kriminellen Freunden, die fangen doch jetzt nicht an mit Gold, Goldfonds sparen und dann bist du mit Sicherheit nicht, wenn mir das jetzt gerade eine frische Entlassene aus dem Gefängnis anbietet, ja, dass wir dir das überweisen und ich überweise dir jeden Monat 2000 Euro und du kaufst dann für mich Gold oder was? Da saß ich und habe so gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich sage, das ist doch hier nicht, um was es geht. Ja, ich sollte mich nicht aufregen, kam der Tom dann und ja, wir waren dann auch mal ziemlich direkt so, ja, also es war nicht so, dass wir so hinterm, hinterm Berg gehalten haben, ja, Mike sowieso so die Axt im Wald immer so erst reden, dann denken und wir waren sowieso direkt, ne, dass wir dann so irgendwie beim Essen waren und dann so den Tom hinbestellt haben, das war ja dann auch so eine Masche, die man dann so macht, werden viele hier kennen aus dem kriminellen Milieu, dass man so anruft, Digga, komm mal hier vorbei, weißt du, so, seh zu, wo bist du, weißt du, komm ran, so wurde er dann auch, so wurde er dann auch ranzitiert, ja, und dann so setze ich mir, ja, was soll die Scheiße, weißt du, was verschwendest du unsere Zeit, was soll das, so ein Gelaber, was laberst du uns voll, dass die sonst was kann und jetzt kommt da so eine Scheiße bei raus, was soll das und er dann so, ja, ja, aber wir haben jetzt, wir haben jetzt wirklich so ein Objekt und wir haben eine Immobilie und da habe ich rausbekommen, da ist ein Mann gestorben und die Frau, die das jetzt geerbt hat, die da, die hat mir gesagt, dass sie unbedingt diese Immobilie loswerden will. Dann will ich euch mal sagen, wie das so läuft, wie ihr euch auch schützen müsst, bevor Leute euch schöne Worte sagen und euch betrügen wollen und so weiter, könnt ihr jetzt hier ein bisschen was lernen, Ohren gespitzt. Diese Frau, ihr Mann ist verstorben, diese Frau um die 65, eher auf die 70 zu, ihr Mann ist verstorben und die hatte dann ein Haus geerbt in Wismar, ein Haus mit vier Parteien, vier Mietparteien und dieses Haus war dann bei der Hausverwaltung von dieser Betrügerin. Wie sie da rangekommen ist, wie das passiert ist, ich habe keine Ahnung. Ist nun mal so. Aber, ein bisschen hört ihr aus der Story schon raus, ich sage jetzt mal, der Tom und die Tanja waren jetzt nun nicht so die Kümmerer Nummer eins. Ja, wie gesagt, ja, so für dieses Hausverwaltungsgeld pro Wohnung irgendwie 20 Euro im Monat, dafür, dass wir die Wohnung verwalten, das war nicht deren Geld, die wollten Hunderttausende, die wollten Millionen scheffeln, also haben die da auch nichts für gemacht. Und diese Frau hatte sich dann natürlich gemeldet und hat gesagt, ja, die hatte da eine Rate drauf, die hatte dieses Haus neu saniert, war so im äußeren Ring von der Innenstadt und der Ring um die Innenstadt, da lag dieses Haus dann dabei. Ähm, nun nicht 1A-Lage, auch nicht 1B, aber war alles okay. Ja, kleine Wohnung, neu saniert, hatte für die Sanierung, hatte ihr Mann noch einen Kredit aufgenommen oder die zusammen hatten da eine Rate drauf. Da waren vier Leute drin. Ja, von den vier Leuten haben zwei bezahlt. Ja, von den Leuten hatten zwei bezahlt und alles lief da drunter und drüber und sie konnte die Rate manchmal kaum mehr bezahlen und nichts war angespart auf den Mieterkonten und Mietkaution und der Tom und die Tanja hatten ja auch gesagt, ja, wir haben das Haus ja auch erst übernommen von der Verwaltung von ihrem Mann vorher und so weiter, die kannten sich irgendwie, irgendwie ist das so gekommen. Scheiß drauf. Auf jeden Fall war sie super unglücklich mit diesem Haus und was ich mit diesem Haus noch erlebt habe, das werde ich euch sowieso noch erzählen, was da noch drin war, kommen wir noch zu, Leute. Also ihr seht schon, das Haus wird nachher ein Teil meines Weges mitgehen, mitstehen, ne? Ja, logisch. So, und er hat dann gesagt, ja, ich könnte mit der sprechen, Philipp, hättest du da nicht Interesse dran und so weiter. Ich sage mal so, das Haus ist irgendwie 110, 120.000 Euro wert. Er hat gesagt, ich könnte dir das durchdrücken für 60.000 oder 70.000. Ich so, boah, das sind Stäbchen. Er hat mir das echt angeguckt, welche Mieteinnahmen da möglich wären und so weiter. Er hat gesagt, wenn ich das durchdrücke, kriege ich 5.000 Cash. Der Tanja sage ich, dass ich das machen muss, weil ich bei euch Schulden habe. Also hat er auch seine Partnerin sofort wieder betrogen. Ja, also die haben gerade geplant, Hunderttausende und Millionen zu machen. Ja, das ist bei Betrügern so, ist das so drin. Die kommen immer und suchen bei jedem, bei jedem, egal wie sie ihn betrügen können, suchen sie nach der Lücke, dass sie den Vorteil haben. Die können auch kein Fuffi teilen, 25, 25, habe ich mit Betrügern nie erlebt. Die können ein Fuffi so nicht teilen. Das muss dann zu deren Gunsten mindestens 26, 24 sein und so weiter. Das ist einfach eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und dann hatte er mit der Frau immer telefoniert und sagt, oh, hier in dem Haus ist was kaputt und wir haben hier einen Wasserschaden, wir müssen hier Reparatur machen. Und der Mieter wehrt sich, der will nicht bezahlen, weil in seiner Wohnung was los ist. Und die Frau hat gerade ihren Mann verloren, hat richtig Sorgen und saß da und hat die Hände wirklich förmlich beim Telefon, hat man die Hände so schlagen hören, sodass sie verzweifelt war. Und er immer weiter in die Wunde rein und sagt, oh, hier kommen die Mietzahlungen nicht an. Ich war da und die Wohnung sieht ganz fürchterlich aus. Und ich glaube, die Haustür ist auch kaputt. Klingelanlage wurde auch zerstört, kostet 1500 Euro, das müssten sie jetzt bald machen, weil sonst will der Mieter nicht bezahlen. Sie richtig dauerhaft bearbeitet, was für ein Schrotthaus das ist und so weiter. Und sie dann so, ja, was meinen Sie, was ist denn das wert? Und sie hatte, glaube ich, noch einen Kredit von der Sanierung Heizung, Heizung, Dach und Flur, da hatte sie noch einen Kredit über 40.000 drauf. Und hat dann irgendwann echt eingewilligt und hat gesagt, ich hätte einen ganz schnellen Käufer, der gesagt hat, der kennt das Haus, der würde das zum marktüblichen Preis nehmen. Ja, woher soll diese Frau wissen? Die kamen, glaube ich, aus Ahrensburg hier bei Hamburg so. Kamen die und sie sagten, woher soll ich wissen, was das wert ist? Und dann, ja, wir sind ja, wir sind ja als Verwalter auch im Immobilienbüro und wir könnten das mal kurz für sie überschlagen. Und dann hat er ihr gesagt, ja, das Haus würde 75.000 kosten jetzt ungefähr. Und er hätte direkt einen Käufer, der das für 70.000 übernehmen würde. Kann ich ihm nur empfehlen, der würde sofort zum Notar gehen. Ich hatte das abgescheckt mit meinen Finanzen, dass das sofort kaufbar wäre. Und die Frau hat mit dem, mit der Zusage am Telefon und bei mir der Unterschrift beim Notar an einem Tag 50.000 Euro sofort verloren. In gutem Glauben diese Firma genommen, dieses Immobilienbüro. Ich ohne Skrupel, das gekauft, ist nicht meine Sorge. Wenn die Frau das so verkaufen will und so weiter, denkt man nicht drüber nach. Leute, prüft das, geht an seriöse Firmen ran, prüft das, holt euch ein Zweitangebot an und so weiter. Und glaubt nicht jedem, der schöne Worte für euch hat. Das gilt genauso wie für mich, wie für alle anderen Leute. War auf jeden Fall, da habe ich dieses Haus gekauft, habe mit diesem Haus ganz, ganz viel noch erlebt. In dieses Haus sind dann auch nachher noch Rotlicht Apartments reingekommen. Ich glaube, die sind immer noch da drin. Also das Haus gehört mir natürlich nicht mehr. Und ja, jetzt hatte mit dem Tom wirklich mal was geklappt. Die Tanja war dann außen raus. Er hat dann Cash von mir bekommen. 2.500 vor dem Notar, 2.500 nach dem Notar. Bin ich mir ziemlich sicher, dass die Tanja davon keinen Cent abbekommen hat. Sie hatte mich dann immer wieder gesprochen, auch dass sie mir ja einen Gefallen getan hat, dass sie da keine Quotage und so drauf hat. Ich sage immer, ja, 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 ja. Hat Tom dann auch so vorbereitet und gesagt, natürlich, hier, wenn die dich anspricht und so weiter, da haben Betrüger auch Angst, dass das rauskommt. Aber jetzt kam der Tom natürlich um die Ecke und hat gesagt, jetzt hatte er Oberwasser. Ich war glücklich mit dem Haus. Der Mike war auch irgendwie mit glücklich, weil wir jetzt die Rotlicht Apartments ändern konnten und konnten dann sozusagen umziehen und konnten die Miete in den eigenen Häusern lassen und die Häuser davon abbezahlen. War schon alles eine Win-Win-Situation. Und da haben wir gesagt, okay, der Tom, vielleicht kann der doch ein bisschen was. Und dann kam der Tom um die Ecke und hat gesagt, Mensch, Mike und Philipp, kommt nochmal ins Büro. Wir bräuchten eure Dienste. Und das, wir haben sehr viele Dienste angeboten. Was von Kurier, Gewalt, Security. Wir waren eigentlich für alles zu haben, wofür jemand bezahlt. Und dann wurden wir in dieses Büro eingeladen. Und wie ich die Erfahrung will, dann mit der italienischen, beziehungsweise mit der Sinti und Roma Mafia erlebt haben in Italien. Und was da so alles passiert ist, Leute, das erzähle ich euch im nächsten Teil. Schaut mal rein, das Buch ist raus. Hass, Macht, Gewalt, bestellbar überall bei King oder den Kongs mit Signatur und Widmung. Bei mir im Shop bei King oder den Kongs auch mit T-Shirt dazu und sonst was im Paket. Schaut mal rein bei Extremistlos, der Verein hinter diesem Projekt gegen Extremisten, also nicht gegen Extremisten, aber gegen Extremismus. Und ja, schaut mal einfach rein. Die Verlinkungen sind hier alle, wenn ihr es unterstützen wollt. Ihr könnt Kanalmitglieder werden, gibt es Hintergrundinformationen oder bei Patreon und so weiter. Vielen lieben Dank, dass ihr erstmal dabei seid. Und das war ein anstrengender Teil, auch mit ein bisschen Geschmunzel. Passt auf euch auf, lasst euch nicht betrügen, lasst euch nicht in irgendwas reinziehen. Prüft immer alles, was euch gesagt wird. Und ich verbleibe mit einem Ahoi von der Küste. Moin Leute, da melde ich mich mit dem siebten Teil Multikriminell, Multikriminalität. Ja, mit dem Tom hat was nicht geklappt oder beziehungsweise es hat was geklappt, nur er hat uns betrogen. Dann hat das mit dem Haus geklappt, war trotzdem sehr, sehr umtriebig. Hat er sich auch mittlerweile an jemanden herangeschmissen aus der, aus der sozusagen, aus der Wismarer Politik, ja. Hat er so auf mehreren Frauen getanzt. Darf man das sagen? Ist das politisch korrekt? Nee, ne. Auf mehreren Hochzeiten getanzt hat er. Hat mehrere Frauen bezirzt. Ganz unterschiedliche Altersgruppen. Ich sage jetzt mal von Mitte 20 bis, ja, bis gut Mitte 60 hat er die unterschiedlich bezirzt. Und viele sind drauf reingefallen. Gut, können wir jetzt sagen, nicht nur die Frauen sind drauf reingefallen, ich natürlich auch. Er ruft uns an und sagt, Mike, Philipp, kommt mal ins Büro, wir haben dir wieder einen Vorschlag. Ich sage, Digga, aber hier nicht wieder Gold ansparen. Ich sage, ihr werdet von mir kein Geld kriegen, das ihr für mich in Gold anlegt und so weiter. Ich sage, ihr beide zusammen, du hast ein Zehner Eisen abgesessen, Tom, und die Tanja hat auch ein paar Eisenjahre. Eisenjahre und solchen Leuten gebe ich nicht mein sauer verdientes Geld aus dem Rotlichtmilieu und aus der Security und aus der Kriminalität. Ich kann mein Geld selber verwalten. Habe ich auch immer so gemacht. Habe ich auch immer so gemacht. Bin ich auch gut dankbar. Für ist es nicht so, dass ich jetzt der Mega-Finanzexperte bin, aber da bin ich ganz klassisch konservativ. und lasse andere Leute nicht mit meinem Geld spekulieren, die dann einmal, die dann irgendwann sagen, ach, zack, weg, tut mir leid. Genau. Also, wir kommen ins Büro. Der Thomas sagt dann zu uns, ja, wir würden euch gerne als Security buchen. Was würde das denn kosten? Wir so, hä, wieso als Security? Digga, du brauchst, du bräuchtest wahrscheinlich Security bei dem, was du machst, wie viele Leute du versuchst abzuziehen, aber wofür? Ja, und dann saß so ganz wichtig, Tanja und der Tom saßen dann da und haben gesagt, ja, wir haben eine Connection aufgetan. Das ist jemand, den die Tanja kennt aus Italien und mit dem kann man Währungsgeschäfte machen, ja. Jetzt muss ich dazu sagen, ich kenne mich mit Finanzprodukten ganz gut aus, aber verstehe auch nicht bis ins letzte Detail, wie welche großen Betrügereien und Währungsgeschäfte gehen und wetten, wetten auf ein Auf und Ab der Aktien, Stocks und so weiter und ist für mich auch ein großes Gambling, ein großes Spiel, ja, mit sehr viel Leid auch für Leute. Ja, die kennt jemanden und der will aus gewissen Geschäften, will der Geld waschen und Geld legalisieren. Es geht darum, dass er, er will Schweizer Franken loswerden, die er aus Geschäften, aus Währungsgeschäften hat und will dafür Euro und will das in der Schweiz tauschen und darf, wenn wir das organisieren mit dem Transport von der italienischen Grenze in die Schweiz und so weiter, dann werden wir da beteiligt und es gibt größere Kredite für größere Geschäfte. Boah, jetzt könnte man sagen, boah, Philipp, Finger weg davon. Ja, ratet mal, was ich gemacht habe, Video anhalten, schreibt es in die Kommentare, habe ich die Finger davon weggelassen? So, voll rein mit dem Finger, welche Überraschung. Also, ich habe das Prinzip aber nicht ganz verstanden und nicht, weil, nicht, weil ich in einer extrem dummen Phase war zu dem Zeitpunkt, sondern einfach hat mir nicht eingeleuchtet, wofür er die Leute braucht, ja. Also wenn ich mir vorstelle, das ist jemand und dann, ja, der hat irgendwie mehrere Millionen, es ging natürlich um Millionen, ja, also wir reden hier nie über 10.000 oder 100.000 Millionen, dass ich mir denke, okay, jemand, der so viel Geld macht in Schweizer Franken mit irgendwelchen Geschäften, der braucht jetzt Leute, die er nicht kennt aus Wismar, halbseidene Typen wie mich und Mike braucht der und der braucht den Tom und die Tanja, um seine Millionen zu waschen. Und wir sollen ja in die Schweiz und zu einer Bank und dann darf man dort umtauschen und dann fahren wir die Euros wieder zurück. Ich sage, welchen Vorteil hat er davon, wenn er uns dann bezahlt und er würde dann Kredite geben, wenn wir das für ihn organisieren, würde er zinslose Kredite geben, um das Geld dann weiter zu waschen. Das hat mir irgendwie alles nicht eingeläutert und mir gedacht, why? Ja, aber okay. Nadel, da haben sie ja erstmal gesagt, ja, aber ihr könntet doch davon auch profitieren, was würde das denn kosten, wenn ihr mitkommt und die Security machen würdet. Und wir dann so, ja, weiß ich nicht, haben wir ein Angebot irgendwie abgegeben und haben gesagt, ja, Spesen, ne, und es darf hier keine Drei-Sterne-Absteiger sein, sondern das muss schon was richtig Geiles sein, wenn wir irgendwo mitkommen und bleiben. Kost, Logis, Sprit, Geld und für jeden von uns irgendwie zwei Mille. Ja, ja, kein Problem. Heute, wenn jemand zu mir sagt, wenn ich Kosten erwähne und jemand sagt zu mir kein Problem, dann ist das entweder, mit dem ich schon länger was zu tun habe und dem vertraue ich, oder ich rolle gleich laut mit den Augen und sage mir, okay, hier stimmt doch irgendwas nicht, weil alle immer über Geld diskutieren. Okay, auf jeden Fall haben wir gesagt, okay, aber und wer steht dafür gerade, wenn wir da jetzt losfahren und Spritgeld und wie sieht es aus im Vorhinein? Nein, ja, ja, wir fahren da runter, das läuft über jemanden aus Berlin. Ja, und woher kennt ihr den? Ja, ist ein Geschäftspartner von der Tanja von damals, die haben schon früher ganz große Geschäfte gemacht und so weiter und dann wird man wieder so eingelullt. Ja, wieder werde ich eingelullt, wo es heißt, ja, die haben früher auch Hunderttausende Millionen verdient. Ja, will man auch, will man auch. Ich gebe es zu, ja, ich hatte auch keinen Bock, jeden Monat Schwerstkriminalität durchzuführen für am Ende des Monats 3, 4, 5, 6.000 Euro. Oh, ich wollte auch mal einen Deal machen mit 100.000 oder 500.000 oder eine Million. Haben wir uns auch drin gesehen. Gibt kaum einer zu, aber das ist nun mal so. Man will dann auch den großen Sprung, man will den großen, man will den großen Fisch. Es ist wie immer Gier frisieren. Ja, und dann will man das glauben. I am a believer. Das ist so, ich wollte das dann wieder glauben. Und der dann gesagt hat, okay, der Ansprechpartner unten in Italien, der wird mit dem Namen Levi genannt und das soll ein jüdischer Anwalt und Notar sein, der diese Geschäfte für Leute im Hintergrund abwickelt und das organisiert, dass diese Gelder gewaschen werden und so weiter. Jetzt habe ich auch einen Film im Kopf. Das ist nun mal so. Und da kann sich auch keiner gegen erwehren, der diese ganzen Serien guckt. Gomorra, Subaru, 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 naja, egal, nicht die Automarke. Ja, und Sopranos, was weiß ich, es geht alles immer irgendwie um Mafia. Und dann habe ich mir gedacht, okay, der Ort, wo das stattfinden sollte, Mailand sein. Dann sollten wir zwischen Mailand und Zürich hin und her fahren, das Geld schmuggeln und das dann dort zu Geldtauschbörsen bringen und das und so weiter. Und klang irgendwie alles, boah, nee, weiß ich nicht, aber hey, kann auch klappen. Wenn das das größte Problem der Mafia ist, wie sie ihr Geld waschen können, why not? Was interessiert es uns? Wenn der Tom und Tanja da mit ihrem Namen drinstehen, ist mir auch egal, ob die dann nachher von der Mafia geholt werden. Würde mich jetzt nun prinzipiell nicht so mega tangieren. Und wie gesagt haben wir, okay, und welche Rolle spielt der jetzt aus Berlin? Ja, das ist der Geschäftspartner, weil der Geschäftspartner muss dann jetzt auch erstmal Euros mitbringen, um die erste Charge abzusichern, wenn man Schweizer Franken mitkriegt. Habe ich auch gedacht, okay, warum müssen wir, also wir als Kuriere, warum müssen wir das absichern? Ja, der Notar und der Anwalt, der Levi, der ist sehr vorsichtig und wenn der uns Schweizer Franken mitgibt, im ersten Test von, was sehe ich, 750.000, eine Million Schweizer Franken, will der abgesichert sein zu einem gewissen Teil, dass er irgendwie 150.000 Euro abgesichert hat. Habe ich gesagt, ja, okay, wenn wir dem, oder wenn wir Kurier machen und irgendjemand ist bereit, dem 150.000 Euro zu gehen, kriegt im Gegenzug, kriegt der eine Million Schweizer Franken in bar. Okay, der eine ist abgesichert auf seiner Seite, habe ich mir gedacht, warum nicht? Ich weiß, dass unter diesem Video jetzt viele Leute lachen und sagen, boah, das klingt schon. Ja, dann ratet mal, was passiert ist, weil so einfach ist die Geschichte mich noch nicht. Und dass wir gesagt haben, okay, und man darf nicht vergessen, da wird eine komplette, die Geschichte, alle wollen glauben, alle wollen Geld verdienen und das ist so im Nachhinein, klug zu scheißen, ist nicht so die feinste Art, da muss man sich selber überprüfen, wo man selber schon mal ausgetrickst worden ist bei, an der, an der, irgendwo, ne? Was weiß ich hier, wenn Süßigkeiten reingezählt worden sind, da waren nur 19 drin oder 8 Köstlichkeiten beim Chinesen, vielleicht sind da manchmal nur 7 drin. So, und, ähm, okay, wir kriegen Geld, wir werden bezahlt, ja, wenn wir nach Berlin fahren, werdet ihr bezahlt. Okay, gut, ich hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie, glaube ich, meinen Touareg immer noch und dann hieß es, ja, wir planen das jetzt, also seid ihr mit an Bord, ja, pauschal brauchen wir auf jeden Fall 6.000, ähm, 1.000 Sprit, 1.000 Spesen und 2.000, 2.500 für jeden von uns. Ja, ist kein Problem, bei dem Verdienst, den wir ja haben, ist ja alles kein Problem. Ja, so eine volle Attacke. Und, muss ich auch ehrlich gestehen euch gegenüber, ist es natürlich auch so, dass man auch sagt, boah, können wir in das Geschäft nicht mit rein, was verdient ihr denn da dran? Ja, da gibt es dann Tauschprovisionen 15% und die wollen mehrere Millionen machen, das sind 150.000 pro Tauschvorgang und so weiter, das ist unsere Provision und da denkt man natürlich, oh, da will ich auch mit dabei sein, ich will nicht hier für 2.500 losfahren, da will ich auch mit rein, da will ich auch mit rein. Ja, ja, wir gucken und dann war ja Tom auch immer, wenn er dann weg war von der Tanja und wer weiß, ob wir die Tanja nachher noch brauchen und dann machen wir das und ich werde da will ich den Anwalt und Staatsanwalt und Notar da kennenlernen, dann werden wir das schon alles so machen und wir so, ja, ja, du bist ein guter Junge, wenn das jetzt wirklich alles klappt und ja, den in Berlin lernen wir ja auch kennen, da fahren wir dann jetzt hin und okay, so, dann rückt ihr der Termin näher. Trotzdem hatte ich immer wieder im Gefühl, ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber okay, welches Risiko habe ich? Ich habe kein Risiko, außer vielleicht da unten für ein paar Schweizer Franken umgelegt zu werden, aber das wurde ausgeblendet. So haben wir nach Berlin gefahren, das war ein Verwalterbüro, ja, und da ging es dann halt so, ja, ja, da fahren wir hin, holen die 150.000 ab, überhaupt kein Problem. Auch da, auch da, ich bin ein Mensch, der sehr bildlich denkt, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, ja, ich finde das gut und habe mir dann so gedacht, okay, wir fahren zu, das war ein sehr einflussreicher Immobilienverwalter aus Berlin, stelle ich mir dann so irgendwie eine schöne Gegend in Berlin vor, Berliner Altstadt, Villa irgendwie, Hausverwaltung zum goldenen Spaten und zum silbernen Besen, ja, und so ein, irgendwie so ein bisschen, so ein gelackter Typ, der, ja, wo Geld so überhaupt kein Problem ist, dann düsen wir da hin, waren dann darauf vorbereitet, auch runter, also wir sollten nach Berlin, der sollte das Geld mitnehmen, steigt bei uns ins Auto mit dazu und wir wollten dann von Berlin nach Mailand losdüsen, um den ersten Deal einzutüten. Dann kommen wir in Berlin an und dann fahren wir so die Straße lang und dann so, ich sage, ich sage, ich glaube, das Navi hat einen weg, ich sage, wo sind wir denn hier, ja, und doch, das muss hier so richtig sein, das ist die Adresse, ich sage, ja, aber das sieht hier aus, als wenn hier nach dem Krieg noch nichts passiert ist. und dann war das, dann war das so, ich weiß die Stadtteile nicht mehr, ich bin in Berlin echt nicht so gut unterwegs, aber das war dann so Blöcke, so nicht Reihenhäuser, aber regelrechte Blöcke, so Ostbauten, Ostkasernen so und dann haben wir den Eingang so gesucht und dann ging das zu seinem Büro so runter, ging das so eine Kellertreppe runter, ja, und dann kam man so rein und dann waren da so vier, fünf Räume, alles weiß mit, nicht so schick wie bei mir hier mit meinen Tapeten, ja, Hashtag, Hashtag Tapete, sondern alles so Raufhaser, das sah irgendwie so alles aus, so als sind hier gerade, dass ich so Anfang der 90er hier klingelgeblieben kam so rein und da hat mir das alles ein bisschen anders vorgestellt, aber hey, geht mir nichts an, ich werde hier bezahlt, dass ich hier Security mache, ja, und dann kamen wir so an, haben den Typen kennengelernt, der dann schon echt so windig hat, gesagt, ja, ich habe das Geld noch nicht da und so, läuft alles, aber das Geld ist noch nicht da, ja, Digga, dann läuft gar nichts, wenn das Geld nicht da ist, läuft gar nichts, das ist immer der beste Spruch, ja, hat alles geklappt, nur das Geld nicht, ja, dann hat nichts geklappt, wenn das Geld nicht da ist, darum geht es allen kriminell, dass es hier ums Geld geht, ja, schwer immer zu erklären und dann saß man da, Mike und ich uns ein bisschen zurückgehalten, soweit wir das konnten, haben natürlich immer auf Tom eingelabbert, was ist das für eine Scheiße hier, das sieht hier aus, als wenn der keine, als wenn der heute keine, keine, keine 100 Mark zusammen kriegt oder so, ja, ähm, doch, das klappt, der hat ganz viele Verwalterkonten und so weiter von den Wohnungen und dann zieht er von den Verwalterkonten zieht er kurz diese 100, 150.000 runter, das muss man sich auch mal vorstellen, das ist auch, was ich erlebt habe, ja auch in Wismar von jemandem, ähm, wie dort gearbeitet wird mit Geld, das ihnen eigentlich nicht gehört, wie sie das selber dann benutzen und das ist ja, ist verboten, ist unter Strafe verboten, dürfen auch den Beruf nicht mehr ausüben und so weiter und steht, glaube ich, auch unter sehr, sehr harter Strafe und der hatte halt wirklich vor, diese Gelder von diesen Verwalterkonten abzuziehen, also die er verwaltet, diese Gelder, gibt ja Leute, die haben ein Haus in Berlin mit 20 Wohnungen und der kassiert die Miete und die melden sich einmal ein Jahr und sagt, ja, wir wollen jetzt unsere Mietausschüttung haben, davon irgendwie 60% oder so, den Rest lassen wir mal ein Verwalterkonto und der wollte da das Geld abheben und dann war das auch so, dann war es 15 Uhr, 16 Uhr und wieder so, ja, was ist denn los und ja, der kriegt das Geld nicht zusammen, der aus, äh, der aus Italien immer angerufen, hatte dann bei der Tanja angerufen, die wollte dann auch losfliegen Richtung, Richtung Mailand, wir waren ja nur mit Tom unterwegs und sollten ja den Verwalter einsammeln, die Tanja wollte nach Italien runterfliegen, alles ein großes Tovo Abu, ja, jetzt weiß ich ja, wie das heißt und, ähm, ja, wir dann natürlich immer so zu dem Tom Degger, das haue du hier nicht hin, was soll das denn, scheiße, ich sagte, wo dran liegt es jetzt, was ist, was ist mit dem Geld und so weiter und wir wollten natürlich, dass das klappt und wir sitzen da, trinken einen Kaffee, schieben uns noch einen Keks in die Figur, noch einen Kaffee und sonst was, sind schon scheiße drauf, fahren los, wollen was zu essen, kommen zurück, 19, 20 Uhr und wir dann natürlich aus, wo soll der jetzt das Geld herkriegen, wir machen doch jetzt keine Bank auf, hier macht doch nicht, hier schließt doch nicht gleich Bank XY auf und drückt dem 150.000 Euro in die Hand, ja, der hatte nämlich das Problem, die Gelder da freizukriegen und der sah schon so aus, als wenn er das überhaupt nicht hatte, der hatte, der hatte ja auch so ein, so ein, glaube ich, für so seine, seine untergehendes Verwaltungs, ähm, Verwaltungs, äh, Firma, Konstrukt, hatte der nach so einem, so einem, so einem rettenden Strohhalm gesucht, an dem er sich so rausziehen kann und hat das irgendwie alles nicht hinbekommen und dann hieß es, ja, morgen kann das alles hinhauen und wir so, nee, pass auf, wir übernachten hier nicht, wir fahren hier von Berlin nach Hause, ja, und haben gesagt, oh, dann planen wir einen neuen Termin und so weiter. rein ins Auto, kann man sich vorstellen, ne, ähm, Mike dann ja auch sehr direkt sich so irgendwie so zu Tom umgedreht, ich sag dir das, Alter, wenn wir hier unsere Zeit verstellen, ich sag dir, ich sag dir, das wirst du bereuen und so, ja, kann ich doch auch nichts für und das wird schon klappen, ich hab schon mit der Tanja telefoniert, macht euch keine Sorgen und das wird ja hier bezahlt, wenn der Deal nächste Woche klappt, ich so, na, wer hat wieder getankt, wer hat wieder Essen durchgezogen, ich, erst mal schlapp, wieder 400 Nasse, ja, dass man dann, nein, das klappt alles und wir werden das morgen, wir machen einen neuen Termin, wir haben schon mit Mailand gesprochen, das klappt alles, das Geld und in Mailand liegt schon bereit und dann waren wir auch wieder kurz beruhigt, da könnte man jetzt sagen, ich weiß, ich sehe hier Leute, wie die so machen, aber wie gesagt, man wollte ja glauben, ab zurück nach Wismar, neuen Termin machen und dann ist das dann auch so, wo es wieder um Nachlässigkeit geht, auch in der Kriminalität, auch da müsste man dann so, äh, äh, irgendwie so eine Prüfungskommission drin haben, ja, vier Augenprinzip bei Geschäften und so weiter, haben uns natürlich aufgeregt, was ist mit dem Geld, ne, äh, Tanja und Tom natürlich zusammen, keine zwei Cent zum Scheißen, ja, also erstmal auf den Kosten sitzen geblieben, dann heißt es, ja, okay, also wir brauchten auf jeden Fall ein Auto unten in Italien, um über die Schweizer Grenze immer hin und her zu fahren, um das Geld zu schmuggeln, haben uns gesagt, scheiß drauf, versuchen wir auf gut Glück immer, immer das Geld zu schmuggeln, das wird schon nicht so das Drama, ich war schon ein paar Mal so in der Schweiz und so doll waren die Kontrollen nun auch nicht, haben uns keine Sorgen drüber gemacht, das Geld da irgendwie so mit rüber zu schmuggeln, wenn wir das Geld erstmal kriegen. Dann hatte, also irgendwie ins Büro gegangen bei, bei Tom und, äh, Tom und Tanja, die dann gesagt haben, ja, okay, der aus Berlin hatte dann, hatte dann angerufen, die haben, die haben das, äh, die haben das Geld komplett, das Geld ist da, ist es auch abgehoben worden, das Geld liegt im Barfrohr. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wie soll man das beweisen, wenn jemand Bargeld das so hat, ja, schick mal ein Foto, ja, ich kann auch ein Foto aus dem Internet ziehen und irgendwie, klar, könnte man das so machen, ja, wenn man was beweisen will, dann muss man eine Tageszeitung drüberlegen, ja, haben wir alle von der RAF gelernt und so weiter, ähm, dass man eine Tageszeitung übers Geld legt oder sich selber nach dem abfotografieren lassen will, aber das sagt man ja nicht, die haben immer noch gedacht, das ist ja alles, alles ist super und das läuft ja alles und da haben wir auch einen guten Glauben, ja. Ja, und dann wurde ein neuer Termin angesetzt, Woche drauf schon, ja, okay, ihr fahrt nach, also Tom, Mike und ich sollen schon mal mit dem Auto runterfahren und die Tanja wird nach Berlin, ja, und mit ihm dann mit dem Geld nachträglich runterkommen. Wir sollten unten auf jeden Fall schon mal alles vorbereiten, treffen, wir sollten schon mal den Notar und den Anwalt treffen, dass wir schon mal einen Tag oder zwei Tage früher vorfahren, dass alles geklärt ist, dass die Übergabe, dass wir einen Ort machen und so weiter. Und dann haben wir gesagt, ja, aber ihr wisst schon, ähm, dass wenn wir jetzt wieder losfahren, Berlin veranschlagen wir euch 2000 Euro Kosten und jetzt gibt's auf jeden Fall noch mal eine 6 oben drauf oder eine 7. Ja, ja, kein Problem, kommen ja bald Hunderttausende rein. Ist ja überhaupt kein Problem, werden wir mit dem ersten Deal gleich begleichen. Ach, und wisst ihr, was machen wir? Keine 7 machen wir doch 8 oder 9 oder so, ja. Ja, ich muss gerade über mich selber schmunzeln, das tut mir leid, Leute, aber okay. Also, wir rein ins Auto, Tom, Tom mit rein und losgedüst von, äh, von Wismar nach Mailand. Ist schon ein ganz schönes Stück, ja. Also da ist man blute, glaube ich, weiß gar nicht, was wir unterwegs waren, was will ich mal dazu sagen. Also, achso, und auch, ich hatte natürlich auch keinen Bock, die ganzen Kilometer auf mein Auto raufzuballern. Ich sag mal so, was fährt man da? Ich glaube, wir waren gute 12, 13 Stunden unterwegs, 12 Stunden, 13 Stunden mit Pausen und sonst was und, boah, da brauchen wir schon ganz viel Sitzfleisch, ja. Immer wieder Respekt an alle, die so auf dem Bock sitzen und Kurier und sonst was. Das ist schon eine harte Nummer, dass dort viele sitzen, muss man ganz ehrlich sagen. Und, ähm, wir hatten dann, ich hatte keinen Bock, die ganzen Kilometer bei mir raufzuballern. Hatten wir, hatten wir einen Freund bei uns aus dem Umfeld, der nachher auch so Drogenhandel, Rotlichmilieu so gemacht hat. Der hatte damals eine, eine etwas ältere S-Klasse, sah aber noch ganz ansehnlich aus. Wir wollten natürlich standesgemäß vorfahren und wir wollten uns wohlfühlen. Auto war wichtig, ja, das ist ganz wichtig, ähm, für den ersten Eindruck und zeigen. Und die Karre hatte sowieso, die Karre hatte sowieso schon irgendwie 200.000 Kilometer oder 250.000 Kilometer drauf. Damit ist er auch immer zum Hamburger Hafen gefahren, zum Arbeiten und so weiter. Ja, von Wismar aus, also die Karre, und da habe ich gesagt, hier kriegst du meinen Tausch fürs Wochenende und wir düsen mit deinem los. Ja, überhaupt kein Problem. Also rein in die Karre, Mike, Tom und ich und ab, los nach Mailand. War schon immer so, dass wir uns ein bisschen abgefeiert haben, so untereinander. Ja, so, war jetzt nicht so, war jetzt nicht so anstrengend. Immer wieder so, natürlich zu Tom gesagt, Digga, ich hoffe, das klappt hier, wenn wir jetzt hier runterfahren. Ja, nee, die Tanja, wir haben ja auch Druck, die muss auch Geld verdienen und der aus Berlin hat gesagt, das hat alles geklappt und so weiter und ist alles, ist alles überhaupt kein Problem. Sind wir in Mailand angekommen, erst mal mega wuselige Stadt, ja, Autofahren, überhaupt kein, habe ich überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Ja, ich erinnere mich, der Tom, der war ja auch so gelackt, ja, der war ja auch immer so eher schick unterwegs und wir dann so irgendwie dann nach dem Weg gefragt haben, wenn wir irgendwas gesucht haben, ja, dann so immer Scusi und so. Das war das Einzige, was er gesagt hat, so Scusi, ja, ja, Scusi war's, Alter. Ja, dann ein Hotel gesucht, eingecheckt auf jeden Fall, war jetzt so gerade so die Zeit, wo auch das iPhone rauskam, so Smartphones und so und das war schon eine coole Sache. Tom natürlich ganz weit vorne hatte so ein Ding als erstes, der mir das dann gezeigt hat, ja, das ist hier ein iPhone von Apple, habe ich das erste Mal dann da irgendwie gesehen. Fand ich dann auch ganz cool, waren wir in Italien und ich erinnere mich noch ganz genau, wie wir irgendwie in Italien ankommen, ich muss das sagen, in Mailand, in Mailand ist ja keiner fett. In Mailand von den Italienern ist ja keiner fett. Und wir haben eingecheckt in dem Hotel, ein ganz tolles Hotel gehabt und sind dann auch essen gegangen und ich erinnere mich noch, wie wir zu dritt in der, zu dritt in der, in der Mailänder S- oder U-Bahn oder was das da ist und wie wir da standen, Maik und ich, Maik ja auch um die 140, 150 Kilo, Tom schlank und gelackt und ich auch daneben, auch gute 125 Kilo, stehen wir so in dieser warmen Bahn und wir schwitzen und dann so mit diesen T-Shirts an, irgendwie so, ja, hier Ultimate Warrior und Fighter und Pro-Violence, ja, und die ganzen Italiener so voll schnieke, optisch auf sich geachtet, wir so in Jogginghose und Bodybuilderhose stehen da so und da hat uns echt jemand angesprochen und hat gesagt, ob wir German Sumo Team sind, ja. Das war, das war so lustig, wir haben so abgefeiert, ja, der Maik hat ja auch immer so geschwitzt, so, ja, immer geschwitzt wie Hulle und da haben wir so abgefeiert, wie die uns gefragt haben und was wir denn hier machen würden, ob wir hier kämpfen würden oder Wrestler sind oder, ja, irgendwelche Kämpfer, wir so, nee, wir sind einfach nur, wir sind einfach nur dicke Deutsche, ja, erinnere ich mich noch, wie wir dann das erste Mal essen gegangen sind und dann saßen wir in so einem Straßencafé mit dem Tom oder bei so einem Italiener draußen, haha, in Italien beim Italiener und saßen wir so und dann haben wir bestellt, guckst du so auf die Karte, was sehe ich, Nudeln, Meiler, 12, 14 Euro oder so und dann kommt der Teller so an, ich hatte so Spaghetti, Garnele bestellt und guckst so und ich guck so den, den, den Maik an, Tom und ich so, sollen wir das jetzt probieren oder ist das, ist das, ist das der Probeteller oder was, ja, oder Tom so, nee, ich glaub, das, ich glaub, das, ich glaub, das ist das Essen, ich sag, Digga, das ist eine Gabel, Alter, ich kann die Nudeln, ich kann die mit der Hand abziehen, das sind vier Nudeln mit einer halben Garnele, Alter, also, bis wir in Mailand satt wurden, da mussten wir manchmal, wir haben Brot bestellt, wir haben Salat vorweg, noch ein Brot, dann Knoblauchbrot, dann haben wir Fleisch bestellt, Nudeln, dann musst du erstmal von 150 Euro essen, das würde eigengermaßen satt wurden, da gab es eine Portion, das war so, weg war das, das ist so echt hängen geblieben und immer wieder den Druck Tom gegenüber aufgebaut, Digga, was ist los, wann kommen die anderen, wie geht es jetzt hier weiter und war es jetzt auf jeden Fall, das heißt, ja, die Tanja ist jetzt da, das klappt, die machen sich jetzt auf den Weg, die Tanja kommt auf jeden Fall schon mal, mit dem Geld, mit dem Fliegen, können sie so nicht machen, sondern die wollen auch mit dem Auto dann kommen, wenn wir das morgen mit dem Anwalt alles abgeklärt haben, dann wird das alles losgehen, waren wir erstmal beruhigt, wir waren gut drauf, wir waren angekommen, wir hatten jetzt was gegessen, 12-Gänge-Menü, waren wir langsam satt, waren im Hotel, wir haben uns gelangweiligt, haben uns gesagt, was wollen wir machen und dann natürlich drei, ich will nicht sagen, ich war Junggeselle zu dem Zeitpunkt, aber wir waren halt einsam und haben gedacht, Mensch, wie ist das eigentlich, ist Prostitution in Italien erlaubt, wir müssen uns ja ablenken, wenn die jetzt noch einen Tag brauchen, wir hatten uns eingecheckt für zwei oder drei Tage in dem Hotel, mussten dann jetzt auch die warten, Geld war ja schon unterwegs im anderen Auto, die Tanja fliegt und dann haben wir gedacht, Mensch, lass doch mal gucken, ist Prostitution in Italien erlaubt, nein, verdammt, aber nach und nach irgendwie rausbekommen über das Internet, irgendwie, ja, gibt es aber trotzdem, muss man nur, muss man nur wissen, wie, wo, was und gucken, weiß ich nicht mehr genau, wie wir das gemacht haben, auf jeden Fall haben wir gesagt, geil wäre, wenn wir jetzt irgendwie zu einer, zu einer Happy-End-Massage, ja, zu einer Teil-Massage gehen würden, dann haben wir, haben wir gesagt, okay, die suchen wir und dann, ähm, dann geht's los und dann machen wir uns einen schicken Abend und freuen uns, wenn morgen das Geld ankommt, wir morgen den Notar und Anwalt treffen und, ähm, wie wir oder was wir bei, ähm, der Teil-Massage erlebt haben, das, äh, möchte ich euch im nächsten Video erzählen und wie wir den Anwalt getroffen haben und wie das weitergegeben, wie die aus Deutschland kam und wie das Geld kam und die Schweizer Franken kam und so weiter, das erfahrt ihr in dem nächsten Teil. Leute, vielen lieben Dank, schaut, schaut mal rein, Buch ist raus, Hass macht Gewalt, würde ich mich freuen über die Unterstützung, könnt ihr im King oder den Kong-Shop bestellen mit Signatur, mit Widmung, schicke ich euch gerne raus, würde mich freuen, unterstütze den Kanal immer, dürft auch Party vom Kanal, wenn bei Patreon, Kanalmitgliedschaft, kriegt ihr immer Hintergründe, Bilder, Videos, Akten und so weiter, immer gibt's irgendwas zu sehen für die Mitglieder, ähm, ich freue mich immer, wenn die Leute die Shirts oder Hoodies oder so, das ist alles für eine Unterstützung für das ganze Team, hier hinter diesem Projekt steckt der Verein extremistlos, auch da könnt ihr reingucken, könnt ihr Mitglied werden, auch bei dem Verein, ist gemeinnützig, ist steuerlich absetzbar für den einen oder anderen, der eine Firma das unterstützen möchte, auch mit Sachdingen dürft ihr das gerne machen, wenn ihr einfach nur konsumieren wollt, dann ist das völlig in Ordnung, lasst einen Daumen oben, dann macht einen Daumen runter, kommentiert gerne, ist eigentlich relativ egal, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei bleibt und im nächsten Teil geht's dann weiter, ähm, mit der Geschichte und ich verbleibe, wie immer mit einem Ahoi von der Küste. Moin Leute, da melde ich mich mit dem achten Teil Multikriminell, wir sind in Italien, ich bin mit dem Tom und mit dem Mike da, wir warten auf die Tanja, die, äh, mit dem, äh, ja, die mit diesem Verwalter runterkommen möchte aus Berlin, es geht, es geht um das Geld, es geht um Tauschgeschäfte, Schweizer Franken gegen Euro, Goldgeschäfte und so weiter, klang für mich alles super dubios, aber hey, hier frisst Hirn, wisst ihr ja, dauerhaft ist ja, ist eine Dauerkrankheit auch bei Kriminellen, ist glaube ich auch eine, ist glaube ich auch ein Problem für viele ehemalige Kriminelle, ja, wenn sie mal irgendwie, ähm, in finanzielle Bedrängnis kommen, dann zu sagen, ich mach doch mal schnell ein Ding und so weiter, ja, genau das Ding geht schief, gibt's viele Filme drüber, glaube ich, und viele persönliche Sachen, die ich da auch im Gefängnis gehört hab, darüber. Also, es ist auf jeden Fall so, wir sind jetzt unten, verbringen da unsere Zeit, läuft alles, ja, äh, zumindestens wird es uns suggeriert, es wird, es wird gesagt, ja, die Tanja ist unterwegs, das Geld ist alles da und der Anwalt meldet sich auch regelmäßig wegen dem, äh, wegen dem Tauschgeschäft, das wir in die Schweiz runterfahren, wir müssen uns nur gedulden, okay. Wir sind unten auf jeden Fall, wir als deutsches Sumo-Team mit unserem dünnen Trainer, dem Tom, und, ähm, uns ist natürlich ein bisschen langweilig, ja, außer Scusi kann ich, hab ich auch nix drauf, ja, ihr könnt ja auch mal, äh, unter dem Video kommentieren, äh, welche Wörter ihr so drauf habt, italienisch, aber viel mehr war dann auch nicht, äh, drin, ja, buongiorno und so, äh, das geht gerade so, aber mit einem ganz tollen Akzent und natürlich mega falsch ausgesprochen wahrscheinlich. Ist egal. Langweilig ist uns so ein bisschen, ähm, Mailand, äh, wacht auch irgendwie so abends und sehr viel live so, äh, on the streets und, ähm, nur der Mike ist ja auch immer so, der hat ja immer schon 20.30 Uhr Bubu gemacht, ja, äh, so, langweilen wir uns also. Aber auch eine Grundspannung so, wird das Geschäft jetzt diesmal klappen? Und dann hatten wir uns gesagt, okay, wie ist langweilig, wie sieht's eigentlich aus, dass wir uns ein bisschen Spaß vertreiben mit, ähm, dass wir vielleicht in ein Bordell gehen oder zu, äh, Prostituierte aufsuchen. Und ich hatte ja gesagt, dass ich so, grundsätzlich war das jetzt nicht so hundertprozentig so mein Fall, was jetzt so angeht, so, äh, Prostituierte zu besuchen und so weiter. Und wir hatten dann ja auch, äh, geguckt, okay, ist Prostitution erlaubt in Italien? Ja, nein, ähm, ist verboten, aber steht im Internet überall drin, ist schon überall möglich. Das ist auch in den Ländern, wo es verboten ist, Prostitution wird es immer geben. Und, ähm, ob das jetzt verboten ist oder nicht, ist dann relativ egal. Ich finde es dann besser, wenn es geregelt ist, ja, ähm, dass die Frauen auch dementsprechend geschützt sind, auch versorgt sind und so weiter und das nicht alles, ähm, sozusagen im, äh, im Verborgenen geschieht und sich dann irgendwelche Leute und Menschenhandel das befördern und so weiter. Ich hatte dann gesagt, also so Bordell und so weiter, Mensch, lass doch, lass doch zur Thai-Massage gehen, ja. Und dann haben alle gesagt, ja, das ist doch eine gute Idee, hier, Happy End und dann, äh, volle Attacke. Und dann sind wir auf den Weg gegangen, wir hatten ein ganz schniekes Hotel und sind dann, äh, mit dem Auto losgefahren. Wir hatten uns ja die, äh, die, äh, die alte, äh, S-Klasse geliehen, mit der wir losgefahren sind, damit ich nicht auf meinen neuen Touareg alles raufballere, die Kilometer und, äh, ja, sind dann irgendwie durch die Straßen gefahren und haben dann, und haben dann eine Thai-Massage gesehen, wo dann so rote Herzen im, im Fenster hingen, ja. Das ist hier, äh, ist in Deutschland. Ich glaube, das ist immer noch, äh, äh, ganz gut so. Ich glaube, viele Thai-Massagen auch in Deutschland haben mittlerweile echt zu kämpfen, damit dass Leute so reinkommen und denken, so, äh, Thai-Massage, ja, wie man heute sagt, so, ja, so nach dem Sport, äh, und man sagt zu seiner Pähle, so, ja, war, ich war vorhin bei der Thai-Massage, ich kann das noch gut ein paar, äh, Ohrfeigen-Applaus geben, ja. Und dann sind wir angehalten, haben das Auto abgestellt und, äh, sind dann reingegangen. Tom, Mike und ich und wir kommen dann in diesen Laden rein und, äh, am, am Tresen, ne, 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 ganz, äh, hübsche, ansehnliche, ganz zierliche, äh, Thailänderin und, äh, der, der Tom hat ja das so ein bisschen übernommen, der hatte, der hatte 15 Wörter mehr Italienisch drauf, äh, und er dann so rein, scusi, äh, ja, irgendwie, äh, dann auf Italienisch irgendwie Massage oder so, hat natürlich alles total fürchterlich geklungen, ja, also, äh, wie, Mike und ich erstmal so, weißt du, so, Mike hat ja sowieso immer gesagt, Tom, Mann, halt die Klappe, alter, weißt du, und dann hat sie so gar nicht verstanden, was, was, was wir wollten und ich dann so auf Englisch, äh, well, we, we, we want a massage and, äh, with happy end, and, äh, sie so, äh, ne, also ich wollte jetzt nicht sagen, sie hat nichts verstehen gesagt, aber natürlich, sie hat gesagt, kein Ding, also, sie hat Thailändisch gesprochen, wahrscheinlich ein bisschen Italienisch, wir haben Englisch gesprochen und Deutsch, wir kamen irgendwie nicht so richtig zusammen und dann kamen ja noch so die Kollegen raus und so weiter und dann haben wir so geguckt und haben so gedacht, ja, okay, ist nun nicht der bestausgestattetste Laden, ja, also von den Marseusen her, ja, aber, schied egal, haben wir uns gedacht und dann wurden wir erstmal so hingesetzt in so einen Vorraum und dann saßen wir da so und dann wir, wir so, äh, waren auch, will ich sagen, ein bisschen aufgeregt, aber es war so ein bisschen eine komische Stimmung, ja, und dann sind wir, äh, in diesem Vorraum und dann irgendwann kam, irgendwann kam die, äh, die Frau und hat so uns an der Hand genommen und, und dann kamen ja diese drei Marseusen und dann, ne, alle haben so geguckt, oh, ich will zu der und, ah, na, dann nehme ich die, oh, scheiß drauf, bevor ich hier alleine bleibe, nehme ich die, so, ja, ganz zu schweigen, was die gedacht haben, was wir für Typen sind, ja, ist man ja immer nur aus seiner Position heraus und hält sich ja für besonders toll und die andere muss natürlich eine Bombengranate sein. Und dann wurden wir jeder so an der Hand, so, an der Hand so, so mitgenommen und wurden in so ein, in so kleine Kammern geführt, ja, äh, nur so durch Trockenbau getrennt, also wirklich so eine Trockenbauwand einfach so hingestellt, dann so ein China-Fächer ran oder ein Thailand-Fächer, ja, keine Ahnung, so eine, so eine Gelande und, äh, da standen irgendwo hier so Räucherstäbchen, aber wir waren wirklich nur getrennt, also durch so einen Vorhang vorne und in der, in der Mitte waren dann so, ähm, so, äh, Trockenbauwände. Und wir haben uns ja, wir konnten uns kein, kein Stück verständigen und dann, und dann haben die so gezeigt, ja, ausziehen, ne, also so Jacke und Hose und so aus und, und dann haben wir immer darüber, ich sag, oh, ey, dann haben wir so rüber geredet und ich sag so, oh, ich fände das ein bisschen ekelhaft, wenn ich euch gleich höre, Alter, weißt du? Und die so, die so, ja, für mich ist das auch kein Traum. Ich sag, ja, scheiß drauf, weißt du? Und die dann, die haben immer so ein bisschen höflich-asiatisch, glaube ich, gelacht und so und dann sollten wir uns ausziehen und, ähm, ja, okay, so T-Shirt aus, ne, äh, wichtigen, wichtige, äh, Pro-Hate-Fight-Jacke ausgezogen, äh, Hose runter und dann drückt sie mir so ein, ähm, drückt sie mir so ein, so ein, so ein Papierslip in die Hand, ja, das ist so wie so ein Tanga und vorne dann, wo, äh, wo die Familienjuwelen reinkommen und dann drückt sie so ein Papierding in die Hand, ja, und dann standen wir da so und dann brüllt irgendjemand drüber, brüllt die Tür drüber, habt ihr auch so ein Papierslip bekommen? Ich sag, ich hab auch so ein Papierslip. Ja, okay, ja, scheiß drauf, okay. Dann hat man sich so einigermaßen verständigt, so hingelegt und wir haben wirklich gekichert, als wenn wir irgendwie auf so einem Mädchen-Kindergeburtstag sind, zwölf Jahre alt, ja, und, äh, haben wir so gekichert und gelacht und ich sag, ich kann mich hier noch nicht konzentrieren, wenn ihr hier nebenan liegt so die, ja, und dann lagen wir da so und dann irgendwann liegt man so und entspannt und dann geht ja auch die Mucke so an und dann fängt sie so an zu massieren, so nimmt sie, nimmt sie Schienbeine und Waden und dann kommt sie so zum Arm und massiert und dann vergehen 5 Minuten, 10 Minuten und wir dann immer so, dann haben wir dann so rübergerufen, ist sie bei euch schon dran? Ja, und dann immer so, nee, bei mir ist noch nix, nee, bei mir auch nicht, scheiße, ja, und dann, ja, vielleicht dauert das länger, wir wussten ja auch nicht, was hat bezahlt die, ne, wir haben, sie hat uns dann aufgemalt irgendwie 80 Euro oder so und gesagt, ja, von mir aus 80 Euro, naja, und massiert und so, ist ja ganz schön, ne, und dann ist ja auch unter diesem Papierslip, der hat nicht den größten Widerstand, ja, da regt sich auch ein bisschen was, ne, und dann sag ich so, ich sag, hier passiert nichts, Alter, wann geht denn das los? Und, äh, dann sagte der Mike irgendwann, sagte der Mike irgendwann so, ey, ist mir egal, ich nehme jetzt ihre Hand und lege ihre Hand auf meinen Schwanz. Und wir ihn dann natürlich befeuert, Tom und ich ihn dann so total befeuert und gesagt, ja, mach mal, wir gucken, Alter, weißt du, er nimmt ihre Hand, packt die auf seinen Schwanz und dann hat die losgeschrien, Alter, no, 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 total, alter, alle anderen aufgehört, ja, also wir müssen das, das war ja wirklich nur so durch Trockenbauwände, total, und dann hat sie gesagt, no, no, und, äh, hat das beendet und hat ihn so, so von der Liege so schubsen wollen, naja, 150 Kilo kriegst du dann auch von der Liege irgendwie nicht runtergeschubst oder so, und dann, äh, dann ist uns das langsam gedämmert, dass das hier vielleicht keine Time-Massage mit Happy End ist, ja, und, äh, wir haben dann alle irgendwie abgebrochen, wir wurden auch abgebrochen, dann kam diese, die von vorne, von der Rezeption, hat uns zu, zu verstehen gegeben, wir sollen uns anziehen und hier, äh, war richtig mies drauf, ja, also alle waren schwer geschockt, äh, was Mike da gemacht hat und Tom und ich natürlich voll in die Kerbe reingeschlagen, du Schwein, weißt du, ja, also, und, äh, dann wurden wir des Ladens verwiesen, nachdem wir dann bezahlen durften, ja, für die 10 Minuten haben uns das dann auch nicht nehmen lassen, weil wir auch nicht mit, äh, ich weiß nicht, in Spanien heißt das La Polisa, ich weiß nicht, wie das in Italien heißt, äh, Carabinieri, ja, genau, ah, wow, und, äh, hatten wir auch keinen Bock drauf, Geld hin und dann so, äh, ciao Kakao, ja, und dann waren wir draußen auch mal geguckt, warum hängen denn hier rote Herzen und so, ja, also, man darf nicht alles das, was man vielleicht, äh, von sich selber ausnimmt, aus seinem Land dann auch auf andere Länder projizieren, ist also wirklich ganz lustig gewesen, wenn ich da auch heute noch daran erinnere, war das schon, ähm, ja, war das schon so ein Moment, der in Italien Spaß gemacht hat. Ja, zurück, wir sind wieder essen gegangen, ein Scampi, drei Nudeln, ja, irgendwie das Geld flattert langsam weg, ich habe ja auch Hotel vorgestreckt, Sprit und sonst was alles, ist schon eine gute Investition, wieder aus dem Hotel raus, nächsten Tag wieder, ja, wo bleibt denn, wo bleibt denn die Tanja und, ja, die machen sich auf den Weg, äh, die, die, die fliegen bald und dann dachten wir schon wieder, oh Mann, das klingt hier doch schon wieder, ey, nach irgendeiner derben Scheiße und, ähm, dann war das so, dass, ab, dann hatte sie, die Tanja hatte dann den Tom gebeten, diesen Anwalt kennenzulernen und dann haben wir gesagt, okay, soll sie den kennenlernen, wir wollen den Typen jetzt mal sehen, gibt es diesen Typen oder verballere ich jetzt nur Hotelgeld und Spritgeld und dann sind wir irgendwann losgefahren und haben diesen, diesen Anwalt dann getroffen. Mike und ich mussten irgendwie wegbleiben, wir mussten in so einem Café bleiben, irgendwie 300 Meter entfernt und der Tom ist dann zu ihm gegangen und hat dann irgendwie mit ihm gelabert und Tom hat sich dann ja auch mega wichtig gemacht, der konnte das ja gut blenden, ja, und hat dann, äh, mit dem irgendwie gesabbelt und, äh, wahrscheinlich ein Espresso getrunken und ganz wichtig und, ja, das klappt mit dem Geld und so weiter, aber dann war das so, dass der Anwalt, dann hat der Anwalt diesen Termin verschoben, nochmal auf den Tag. Wir wieder zurück, wir so, was soll denn die Scheiße, was ist denn das Problem, wenn der, wenn der diese Million hat und der will das Geld waschen in der Schweiz und so weiter und wir sind hier und alle sind, warum nochmal verschieben? Und wir natürlich immer auf Tom rumgehackt, ne, also Mike war dann ja auch immer so zu Tom, Alter, wenn das nicht klappt, ich hau dir einer in den Ohren, Alter, dann war's das, Alter, dann Tom dann immer so, ja, ja, das klappt schon, die Tanja, die hat doch schon mal Millionen gemacht und jetzt könnte man denken, Mann, Philipp, bist du doof? Es ist aber so, dass ja vorher Geschäfte geklappt haben, ein Geschäft hat zumindest geklappt. Und dann war es auch so, dass, äh, wir wieder einen Tag verbracht haben in Italien, es zog sich wirklich wie Kaugummi und am nächsten Tag kommt die Nachricht, dass die Tanja sagt, der Typ von der Immobilienverwaltungsfirma in Berlin, der kriegt das Geld nicht zusammen, der hat uns alle belogen, der kriegt das Geld nicht zusammen, der hat das von den Konten nicht runterbekommen. Alter, ich erinnere mich noch, wo diese Nachricht gekommen ist, ne, wir ist schon wieder Sprit, wir haben da unten Hotelgeld verballert, 1000 Euro, haben so Geld ausgegeben, haben Sprit verballert und sind da unten und die Stimmung ist wirklich richtig mies, ne, ich hab echt gedacht, dass Mike dem Tom, äh, einen an die Ohren haut und, äh, nein, nein, das Geld kriegt ihr und Tanja überweist das und so weiter und die hatte ja ihr Büro mitten in der Innenstadt in Wismar und da hab ich das abgenommen, dass sie von, äh, von ihrem großen Deals vor, wofür sie ins Gefängnis gegangen, das Geld übrig gehabt hat und die hat gesagt, nein, das Geld kriegt ihr hier für diese Fahrt und so weiter und, ähm, das ist nur aufgeschoben, das ist nicht aufgehoben, Stimmung richtig mies, ja, und wir dann, wir dann losgefahren, wir dann losgefahren Richtung, ähm, Richtung, von Mailand sind wir nach Zürich gefahren, weil die Tanja war mittlerweile, war die in, war die in Zürich mit einem anderen Vermittler, mit einem anderen Vermittler war die in Zürich, weil da haben sie auf den Typen mit dem Geld von den Immobilien gewartet, ist ein bisschen kompliziert, weiß ich, ich hab da damals auch nicht mehr durchgesehen, äh, jetzt sind die in Zürich und so weiter, haben gesagt, okay, auf jeden Fall kommt jetzt erstmal von Mailand schnell nach Zürich, vielleicht kriegen wir das Ding trotzdem noch irgendwie gerettet, anders irgendwie. Boah, Stimmung im Auto echt auf Null von Mailand nach Zürich ist nicht die mega lange Fahrt, aber dann, und dann wir so, ja, jetzt reden wir Tacheles mit dem, die beiden, der Vermittler, der da da ist und die Tanja, die da ist und Tom, dann setzen wir uns jetzt alle hin und wollen wir jetzt wissen, wer bezahlt jetzt hier die Scheiße, ja, und wer ist hier völlig verantwortlich, hier unsere Zeit geraubt zu haben, Geld geraubt zu haben und so weiter, dann fahren wir jetzt nach Zürich. Und, äh, dann sind wir nach Zürich angekommen und dann muss man sich das so vorstellen, die hatten dann eingecheckt, äh, irgendwo in Zürich, Schweiz sowieso, unbezahlbar für mich als armer Norddeutscher, haben die in Zürich irgendwo eingecheckt, haben uns getroffen, irgendwo, Parkgebühr hab ich nur gesehen, halbe Stunde, zwölf Euro oder so, haben wir irgendwo in der Innenstadt irgendwie das Auto abgestellt und, ähm, dann haben wir uns mit der Tanja und mit diesem anderen Dödelfermittler da getroffen. Die hatten sich ein Hotel genommen, irgendwie 1a Lage, ältestes Hotel am Platz, äh, es triefte Gold von den Dächern, ja, und Honig lief aus den, aus Bächen und, und Pralinen wurden in den Mund gefüttert und haben da dann eingecheckt und saßen dann davor und haben einen auch ganz wichtig gemacht und haben da Kaffee vorgetrunken. Wir haben uns da zugesetzt, kann man sich vorstellen, so ein Jogginghose, Bauchtasche, äh, Fightjacke, Pro, Kampf, Hate, Jacke an und haben uns da zugesetzt und Stimmung gerichtet und haben gesagt, so, was ist jetzt los? Wer übernimmt jetzt hier die Kosten? Wir kriegen hier, wir kriegen hier für unsere Leistung 3.000, wir kriegen 1.000 Sprit, wir kriegen 1.500 Hotel, wo sind die 5 Mille, wer macht jetzt hier die 5 Mille raus? Und dann saßen wir da, ja, wir sind ja noch am Machen und wir sollen uns abregen und so weiter, das große Geld, wir haben ja auch hier gedacht, das klappt jetzt hier alles, wir können da auch nichts dafür, das ist der aus Berlin, aber wir haben ja jemand noch in Ersatz, deswegen war dieser neue Vermittler da mit dabei, wir haben an einen Ersatz, der hat, ähm, der, der, der hat das Geld, der aus Berlin, der hat uns auch belogen, da können wir auch nichts für und so weiter. Dann wurden wir belabert. Bin ich heute nicht mehr so für zu haben, zu dem Zeitpunkt habe ich mich aber noch belabern lassen, ja, das wird schon klappen und denk dran, dann gibt's 100.000, dann gibt's 500.000, wir waschen 2 Millionen und dann ist Geld das geringste Problem, was wir noch haben und du willst das dann glauben, ja, Scusi, du willst das glauben und haben uns belabern lassen und dann haben die gesagt, ja, die haben ja gedacht, die fahren auch nach Mailand weiter und haben gefragt, ob sie mit uns dann, mit unserem Auto dann mit zurückfahren könnten nach, ähm, nach Wismar, beziehungsweise wo er herkam, dann auch irgendwie, äh, Neuruppin oder, oder irgendwie Neubrandenburg oder irgendwie so, da kam der her. Die haben gesagt, ja, betteln tue ich nicht drum zu fünft in der S-Klasse da drin, aber scheiß drauf, weil wenn die die Flüge da aus Mailand hatten, scheiß drauf, wir fahren sowieso rein ins Auto. Achso, alle rein in diese alte S-Klasse, Mike ist dann irgendwann gefahren, ich war Beifahrer und ich kann euch sagen, wir haben dem Auto nicht absonderlich viel geredet. Ja, und dann auch immer so vor den anderen waren wir dann nicht so, aber wenn, wenn Tom dann immer bei irgendwelchen, äh, äh, Rastplätzen, wenn dann geraucht worden ist oder so und, äh, er hat mir irgendwas gesagt, er hat gleich immer gesagt, halt deine Fresse, Alter. Weißt du, wehe, das klappt hier nicht, ich sag dir das, du stehst für das Geld gerade. Ja, 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 mach ich. So ein Betrüger sagt ja immer, stehe ich für gerade, ist überhaupt kein Problem und so weiter. Und da sind wir gefahren und, äh, unglaublich aber wahr, so ein Kilometer vor dem Gotthardtunnel, ich meine, es war der Gotthardtunnel, ein Kilometer vor dem Gotthardtunnel, wenn man Richtung Deutschland fährt, fängt auf einmal an, diese S-Klasse, die hatte so, so, na, die hat ganz stark gequalmt, oben, vorne aus dem Motor. Wir gefahren, scheiße, 500 Meter bis zum Gotthardtunnel und kurz vorm Gotthardtunnel ist eine Tanke. Und kurz vor diesem, kurz vor diesem Tunnel sind wir, sind wir ran und sind rangefahren und das Auto, wir hatten eine riesen Rauchentwicklung, ich glaube, es hat, es hat keine zehn Sekunden gefehlt, dass wir, dass wir einen Motorbrand haben, da ist immer, dieses, dieses heiße Öl ist oben aus, so, ich kenne mich mit Technik und Motoren so gar nicht aus und das kenne mich auch einen Scheiß, aber da waren so, ich weiß nicht, nennt man das Nocken, Injektionen, Nocken oder was, keine Ahnung, da waren so Dinger, die so hoch und runter arbeiten, ja, und da ist das rausgespritzt auf dem Plastik und das ist schon geschmolzen und so alles und riesen Rauchentwicklung und kam jemand auch aus der Tankstelle da raus und so weiter, muss man sich mal vorstellen, wir wären mit diesem, wir wären mit dem brennenden Auto im Gotthardtunnel gewesen, das muss man sich mal vorstellen, also diese Tankstelle kurz davor, das ist wirklich so passiert, das ist kein Gedüse, das kann man sich nicht ausdenken, sowas, standen wir mit diesem Auto da und stehen mit diesen fünf Leuten dann auf diesem Rastplatz mit dieser kaputten S-Klasse. Stimmung, ich kann es nicht sagen, wie unterirdisch diese Stimmung war. Ich hatte das Gefühl, müssen jetzt irgendeinen, mein Gott, ich hatte das Gefühl, müssen jetzt irgendeinen hier dermaßen auf die Fresse hauen, einfach um ein besseres Gefühl zu haben. Ja, kann ja jetzt keiner was dafür, außer wir, die die alte S-Klasse ausgeliehen haben. Und wir stehen dann da und dann steht man da an diesem Tunnel. Ja, was machen wir jetzt? Ja, keine Ahnung. Ja, äh, Auto. Ich sag, gut, ich bin ADAC Plus Mitglied, Hashtag Werbung, ja, und hab den ADAC angerufen. Ich sag, ich stehe hier an der Tankstelle, Gotthardtunnel und so weiter und Auto ist kaputt. Relativ sicher, Auto ist kaputt. Dann kam wirklich eine Stunde später, kam jemand von so einer Werkstatt, Schweizer Partner, kam dann mit dem Auto angefahren, hat gesagt, Auto ist kaputt, da brauche ich gar nichts mehr machen, da müssen wir gucken, der wird dann irgendwann nach Deutschland abgeschleppt. Ja, also der kommt dann irgendwie auf so einen Autozug und das dauert auch ein paar Wochen, das ist nicht, dass man drei Tage später das Auto dann wieder in Deutschland hat. Da war ich Gott sei Dank ADAC Plus Mitglied. So, dann hat der, dann hat der mich und Mike mitgenommen, dann hat der uns zur Werkstatt mitgenommen, dann mussten wir das organisieren, dass wir noch ratzfatz einen Leihwagen, einen Leihwagen kriegen, aber der Leihwagen war nicht dazu da, um nach Wismar zu fahren. Ja, und dann, und dann sagte ich, dann, dann hatte ich mit dem ADAC immer telefoniert, der ADAC hat gesagt, das ist überhaupt kein Problem, sie sind in der Schweiz liegen geblieben, nehmen sie sich den Leihwagen, fahren sie zum Flughafen, buchen sie die Flüge und die kriegen sie dann erstattet. Und auch wenn sie übernachten müssen, auch das kriegen sie erstattet und so weiter. Okay, Stimmung, Stimmung schon mal angehoben. Dann habe ich gesagt, okay, da habe ich gesagt, okay, wir sind fünf Leute in dem Auto. Dann habe ich gesagt, okay, das wäre ein großer Zufall, aber gut, wenn sie fünf Leute sind, sind sie nur mal fünf Leute. Ich sage, ja, aber drei von denen sind mir scheißegal, geht nur um Mike und mich, die anderen drei sind mir scheißegal. Ja, und wenn die zu Fuchs nach Hause latschen. Also, diese Tage muss man sich mal so vorstellen und dann sind wir mit diesem Auto, mit diesem Auto sind wir dann zum Flughafen. Ich glaube, sogar Basel sind wir. Ich glaube, wir mussten nach Basel fahren. Ja, Basel. Also auch noch die Fahrt dann mit denen und wirklich die Ansage macht dem Auto, wehe von euch, einer sagt hier ein Wort, Alter, ein Wort, dann wird das Auto aufgemacht und euch wird nie jemand in den Schweizer Alpen finden. So, kommen wir in Basel am Flughafen an und dann musst du ja einen spontanen Flug bestellen. Das heißt, das ist nicht hier über die Ticketbörse, wir vergleichen mal den billigsten Flug und so alles, sondern wir wollen jetzt nach Hause, wir wollen jetzt nach Hamburg und wir organisieren dann, dass wir uns aus Hamburg abholen lassen und so weiter. Das ist ja auch noch alles Arbeit gewesen. Das ist ja nun nicht so, dass das so mal reibungslos alles klappt, man ruft ein Büro an und es wird alles für einen geregelt. Dann stehen wir am Flughafen, ich weiß noch, wie ich an diesem Terminal stehe, da waren so Terminals, wo man so Flüge dann buchen kann, ja, also wo du selber so das eingibst und so. Und dann musst du eine Kreditkarte reinschieben und dann die Flüge buchen. Und dann sage ich so zu der Tanja und zu dem Tom und so weiter, er gibt mal eure Kreditkarten. Ja, haben wir nicht. Ich sage, bei Tom war mir klar, dass er keine Kreditkarte hat. Ich sage, ja, Tanja, deine Kreditkarte? Ja, ich habe keine, ich bin ja auch erst aus dem Gefängnis raus von mir und das Geld kriegst du aber. Ich sage, nee, 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 nee. Ich sage, Geld kriegst du aber, kriegst du auch vom ADAC irgendwann wieder? Ich sage, ja, irgendwann. Und dann bin ich irgendwann in Deutschland, ich kaufe jetzt hier für fünf Leute Flügel für 3000 Euro oder so und dann heißt es nachher, ja, fass mal eine nackte Tanja in die Tasche, Alter. Da habe ich gedacht und dieser andere Vermittler, der jetzt sagte, 150.000 sind überhaupt kein Problem, der auch nicht. Da weiß ich doch, ich bin auch Kaufmann. Ich weiß, jetzt denken die vielen Leute, ja, du lässt dich jedes Mal belabern und glaubst das alles. Aber das muss man sich mal vorstellen. Die machen einen alle auf Zampano, sitzen da im Hotel in der Schweiz. Ich weiß nicht, wie ihr am Flughafen uns aufgeregt habt. Ihr sitzt da und trinkt euren Espresso und Kaffee im teuersten Platz, weil die haben das Geld schon ausgegeben, dass sie glaubten, dass sie diese Woche verdienen und haben dann ihre letzten drei Kröten zusammengesammelt und haben davon dann dieses Hotel bezahlt und diesen Kaffee für 18 Euro oder was weiß ich, was der in der Schweiz kostet, ja. Mann, da kaufe ich mir hierfür eine ganze Kaffeemaschine oder ein ganzes Kaffee-Bohnenfeld. Und dann standen die am Flughafen und haben keinen Cent, haben keinen Cent. Und ich stehe da, ich mit meiner Stimmung natürlich. Dann musste ich nochmal bei meiner, weil ich so eine, ich hatte keine Prepaid-Kreditkarte, aber so eine Kreditkarte, wo du nur 2.000 auf einmal mit buchen kannst, so aus Sicherheitsgründen. Musste ich noch die scheiß Bank anrufen, dass sie das Limit hochsetzen, ja. Musste ich dann noch mit denen telefonieren, die überzeugen, dass ich wirklich der in der Schweiz bin. Ich bin wirklich der, der anruft und ich sage, ich muss das Visa-Limit hochsetzen und so. Ich hatte so ein Hals, ich hatte so ein Hals. Und ich sage, ich sage so, ich sage, wehe von euch, wehe von euch, kriege ich nicht jeden Cent wieder und so weiter, ne. Maik und ich natürlich hintenrum geklärt und haben gesagt, pass auf, wir behaupten nachher, ADAC hat nicht erstattet und dann holen wir uns das Geld trotzdem von denen, scheiß auf die, ne, weißt du. Ja, also das da war, das wurde auch so gemacht, das wurde auch so gemacht, also, boah. Und dann wirklich, die Stimmung, die Stimmung so scheiße, sind wir irgendwann losgeflogen, sind wir von Basel nach Hamburg geflogen, haben uns dann von zwei Autos abholen lassen. Ne, ich meine sogar, ich meine sogar, dass wir, dass wir die anderen mit dem Zug haben fahren lassen. Toma, äh Tom, uh Tom, Tom, Tanja und den anderen Bödel haben wir mit dem Zug fahren lassen und wir, Maik und ich, haben uns abholen lassen und dann sind wir erstmal weggefahren und, ähm, damit war das Projekt Italien erledigt. Nein, ist es natürlich nicht. Ich habe mich noch einmal belabern lassen, dass wir noch einmal 300 Kilometer, zwei Wochen später 300 Kilometer nach Berlin fahren, weil jemand gesagt hat, er hat diese 150.000, um dieses Geschäft anzustoßen. Und ob der diese 150.000 Euro wirklich hatte, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Lasst einen Daumen oben da, macht einen Daumen runter, kommentiert gerne. Ihr dürft gerne eine Kanalmitgliedschaft abschließen, da kriegt ihr immer wieder die Fotos und Unterlagen und Videos und so von den Leuten, über die wir sprechen. Und, ähm, ja, ihr dürft Pate werden vom Kanal. Guckt mal rein bei King unter den Kongs, hier bei den T-Shirts oder das Buch ist draußen Hass macht Gewalt. Würde mich freuen, wenn ihr das supportet und irgendwo kauft. Mit Signatur gibt es das bei mir im Shop. Der Verein dahinter ist extremistlos e.V., der gemeinnützige Verein, wo ihr euch informieren könnt über unsere Vorträge, Antigewaltarbeit und so weiter. Und ansonsten, wie immer, verbleibe ich einfach mit einem Ahoi von der Küste. Moin Leute, da melde ich mich mit dem neunten Teil Multikriminell. Die Geschichte ist so unglaublich für mich immer wieder, auch wenn ich sie erzähle. Aber es ist so passiert, wie ich euch das hier erzähle. Und wir waren zurück. Wir waren stinksauer. Nichts hat geklappt in Italien. Ja, ich habe noch die Flüge ausgelegt über, ähm, den ADAC. Das Auto musste abgeschleppt werden, kurz vorm Gotthardtunnel. Und, äh, ja, es ist so, äh, die Stimmung war echt so gegen null. Es war kurz davor, dass die Fäuste fliegen, besonders gegenüber, äh, Tom und, äh, Tanja, die das beide eingefädelt hatten. Das, also ich glaube, ein Satz, ein Wort, irgendwie, irgendwas Großkotziges, Immobilien, Millionen oder sonst was, dann hätte das, ähm, dann hätte das richtig geknallt. Das kann man jetzt mal wirklich so sagen. Ähm, wie die zurückgekommen sind, auf Scheiß drauf und so weiter, zurück. Ähm, auch wenn wir das erzählt haben, so, wenn Maik und ich das so erzählt haben, dann in unserem, äh, Freundes-Bekantenkreis, Kameradenkreis oder auch bei anderen, ja, dann wurde das, ich will nicht sagen belächelt. Ich weiß nicht, was hinter unserem Rücken geredet worden ist. Aber wir waren jetzt so keine Typen, denen man ins Gesicht gesagt hat, äh, wie könnt ihr sowas glauben, so ein Scheiß und so weiter. Wie gesagt, immer wieder, was wir uns immer wieder bei diesen ganzen Storys vor Augen halten müssen, ist, I am a believer und ich möchte das glauben, was dort erzählt wird und Gier frisst Hirn. Das ist nun mal so. Das ist einfach, jeder, der mal in der Schwerstkriminalität oder in der organisierten Kriminalität weiß, dass, dass es überall Betrüge gibt, dass man das glauben möchte, dass man auf Geschäfte aufspringen muss und so weiter. Und deswegen funktionieren auch so große Betrügereien, weil Betrüger natürlich gut im Labern sind. Zurück und so weiter. Dann auch, äh, mit Sicherheit haben wir uns, äh, drei, vier Tage mit Tom nicht getroffen. Immer wieder dann auch gesagt, pass auf, Digga, wenn wir uns sehen, was ist mit dem Geld, was ist, was wir ausgelegt haben und, äh, wann kommt das Geld von der Flüge zurück. Wir haben ja, wir haben ja behauptet, dass der ADAC uns das nicht ersetzt hat nachher und dann haben wir von denen, für denen wir die Flüge ausgelegt haben, da haben wir uns dann über den ADAC zurückgeholt und von denen auch abkassiert. Da muss man auch dazu sagen, dass wir natürlich auch drauf gepocht haben müssen. Und scheißegal, ob das Geschäft klappt oder nicht. Wir sind da runtergefahren, wir hatten unsere Kosten und wir werden unser Geld kriegen, Tom. Und du stehst dafür ein, von dir werden wir das Geld holen, wenn du irgendein Geschäft machst und irgendeine Immobilie verkaufst und so weiter, dann werden wir das von dir holen. Er selber hat sich ja auch Immobilienvermittler genannt. Auf der Visitenkarte Immobilienvermittler und nicht Immobilienmakler, weil jetzt Makler braucht man ja einen Maklerschein. Ich glaube, da braucht man auch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt oder auch eine, ja, sozusagen, man braucht eine Maklerlizenz, oder? Ja, ja, ist so, ne? Und die hatte er natürlich nicht, ja, er war als Betrüger zweimal länger im Gefängnis und deswegen hat er sich Immobilienvermittler genannt. Ja, er hat sozusagen keine offizielle Provision genommen, inwiefern das rechtmäßig ist oder nicht. War mir ja auch scheißegal. Er hat auf jeden Fall immer versucht, mit seinen Fingern irgendwo in irgendwelche Geschäfte zu kommen und da irgendwie immer mit dran zu verdienen. Wie gesagt, eine Person, die man mögen kann, die ich auch sehr mochte, ja, durch die Art, ja, hat dann auch immer rumgescherzt, konnte auch über sich selber lachen, ja, meinst du? Ja, und wir haben ihm das natürlich auch abgenommen. Der hatte ja selber, der hatte ja selber keine zwei Cent in der Tasche und der war auch ein Believer, ja, also der hat auch das geglaubt, was andere ihm gesagt haben. Jetzt war auf jeden Fall schon Kosten entstanden und jetzt könnte man sagen, Alter, ihr seid nochmal da runtergefahren, es hat wieder nicht geklappt, ja, und dann werden wir in dieses Büro bestellt und dann heißt es, also erst hatte ja Berlin nicht geklappt, dann sind wir wirklich runter nach Mailand, dann zurück über Zürich, Basel und so weiter zurück und jetzt werden wir dann halt belabelt, werden in das Büro geholt und dann heißt es so, ja, jetzt klappt das. Jetzt weiß ich, jetzt würde jeder, ihr könnt jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, was unsere Antwort darauf war, aber ich habe es ja, glaube ich, schon vorweg gespoilert und so weiter. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, ich freue mich auch immer, wenn ihr irgendwelche lustigen Stellen hier rausarbeitet und so weiter, um überhaupt dieses, das hier so zu verstehen, was da passiert. Wir sind in diesem Büro und dann sitzt da diese Tanja und Tom sitzt da und dann schon so, ja, das klappt und so weiter und zwar hatten die jetzt über alte Kontakte, haben die jetzt eine Firma aufgetrieben wieder, also diese Firma, mit der sie da irgendwie aus dem Bereich Blau am See da gearbeitet haben, die hatten einen Bekannten, der bereit war, jetzt nochmal runterzufahren und jetzt aber wirklich dieses Geld auch schon in Berlin abzuholen. Das heißt, unser Risiko wäre nur das, was wir uns verkaufen wollten, weil wir waren natürlich, wir hatten so eine Körperhaltung hier, nee, scheiß auf, fickt euch, wo ist das Geld und so weiter, das lassen wir uns hier nicht gefallen und so weiter und haben wir uns halt, haben wir uns breitschlagen lassen. Wir haben uns breitschlagen lassen. Diesmal natürlich auch, wir haben Telefonate gehört, also die hat sich auf laut und der Typ hat gesagt, ja, ich werde das Geld zur Verfügung stellen gegen diese Zinsen und so weiter und dann haben wir gesagt, okay, wie funktioniert das? Okay, der kommt aus Berlin, die Firma kommt da aus Blau, ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen, weil das, nur dass ihr versteht, also es gibt jemanden, der wollte diesem Firmeninhaber, ein Freund von dieser Firma, wollte dem das Geld leihen und damit dieses Geldwäsche-Geschäft in Italien klappt, dass der seine Firma retten kann, hatte dieser Freund gesagt, okay, ich gebe dir diese 150.000, wenn du das brauchst, hier guten Handschlag auf gute Freunde. Ja, wir alle wissen das, Borgen bringt Sorgen, haltet Geld aus Freundschaft raus, ist immer mal so eine Empfehlung, die ich geben kann, lieber einmal Nein sagen und wenn ein Freund darauf drängt, dann muss man wirklich, man kann helfen mit Essen, Wärme, Dach und so weiter, aber Geld ist immer problematisch. Ja, wir sind zwei Wochen später, wir sind zwei Wochen später wirklich nach Berlin losgefahren. Tom an Bord, die Tanja wollte selber runterfliegen mit denen von der Firma und mit so einem anderen Vermittler aus Berlin, da waren ja auch so viele Vermittler mittlerweile drin, ja, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt muss es hier wirklich um Millionen geben, weil, ja, wenn du nachher fünf Vermittler hast und wir da mittendrin und es geht nachher um 20.000 Euro, wie willst du das aufteilen, ja? Wenn jeder von den sieben Parteien schon 20% will, dann machst du ja schon 40% nasse. Ja, dann musst du ja eigentlich schon 40% draufzahlen. Also so einfach geht das alles nicht. Also, okay, wir haben uns breitschlagen lassen und wir sind dann nach Berlin gefahren, Tom im Auto und immer hier mit der Faust gedroht, Digga, Alter. Wenn das nicht klappt, also du wirst gleich in Berlin zerlegt. Nein, nein, das klappt alles. Und dann sind wir auch in Berlin angekommen und da haben wir uns relativ unspektakulär mit jemandem getroffen. Ich sage mal so, der sah aus wie ein 2020er, man sich einen modernen Jesus vorstellt. Ja, also wirklich so wie meine Eltern bei mir damals die Haare geschnitten haben, einige von euch werden das können, Topf rauf, einmal rum mit der Schere, abgeschnitten, ja, irgendwie eine ganz Aspach-Uralte Brille, drei Tage Bart noch dazu, so ein Flanellhemd, dann mit so Korthose und dann so, was ich ja immer so ganz schrecklich finde, ist ja so, wenn Leute so urban-mäßig so in Städten sich so Walking-Boots anziehen, weil sie dann von ihrer Wohnung 600 Meter zum Bäcker gehen und sich dann so Wanderschuhe anziehen und so finde ich ja mal ganz fürchterlich. Ja, hat er auch so Gürtel, so mit Handy am Gürtel, ja, und so ein Leatherman dran, ja, so ein Messer, also, und der war der Typ, mit dem wir uns getroffen haben. Wir steigen raus aus dem Auto und wir sagen so, Tom, Alter, das ist wohl nicht der Typ oder was? Und Tom, doch, das ist der, Tom natürlich dann so, ja, ich bin Tom so und so, der hat ja dann auch mal gleich ihn raushängen lassen, ja, ich bin ja hier der Vermittler und ich bin der Kompagnon von der Tanja und wir machen das ja mit den Geschäften da in Mecklenburg. Wow, man, ja, normalerweise müsst ihr erleben, wir machen gar keine Geschäfte und zwar irgendwo in einem Kackdorf irgendwo, aber groß aufgetragen. Und der Typ sagt, ja, okay, wurden wir beide vorgestellt, ja, das ist hier die und die Security, das ist hier der Maik und das ist der Philipp und die begleiten das, die werden von uns bezahlt, dass hier alles reibungslos läuft mit dem Geld und so weiter, war der eher skeptisch, haben ihn noch alleine gesprochen und dann sieht man, hat man den Tom auch immer rumfuchteln sehen, ja, nein, alles gut, beschwichtigen und so weiter und dann hier, komm mal dazu, vorgestellt, Peso noch gezeigt, ja, weil es geht ja auch nur um eine Menge Geld und Maik und ich standen und haben gesagt, Digga, das wird doch hier wieder nicht klappen, der Vogel, der hat auch keine 150.000, vielleicht hat er in der E-Mail gelesen, 150 Mark oder sowas, ja, und jetzt hebt er gleich 150 Mark ab und denkt, das geht hier mit einem Millionengeschäft los. Ist der wirklich zu mir ins Auto gestiegen, sind wir losgefahren und dann sind wir zu irgendeiner Standardbank, ich meine, es war damals noch Dresdner Bank, ja, was dann in der Commerzbank ja aufgegangen ist und der ist reingegangen, der wurde von so einem Filialleiter oder Abteilungsleiter mit Handschlag begrüßt und der war zehn Minuten später wieder da und hatte dann sozusagen so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Männer, so ein Männerhandtäschchen voll, also muss man schon so sagen, das ist schon so ein Batzen, 150.000 Euro, ich weiß immer, 30.000 Euro, wenn irgendwelche Fernsehsenders zeigen, hier, gewinnen sie mal 10.000 Euro, dann machen die so einen Koffer, ja, braucht man nicht, und das war auch alles in Hundertern gestückelt, ja, also das sind nicht so viele Batzen, wie man sich das vorstellt, das ist noch relativ überschaubar, das sage ich ganz ehrlich und ist ja, im Einpacken sind 10.000 Euro drin, ja, und dann braucht man 15 Packen und das ist gut verstaubar noch. Natürlich hatte Tom alles vorbereitet, wir brauchen auch einen großen Koffer, ja, große Geschäfte, großer Koffer, großer Tom und der ist wirklich ins Auto gestiegen und Maiko und ich saßen vorne und haben gesagt, also hat das alles mit dem Geld geklappt und der sagt, ja, na klar, ich habe das Geld und wir dann so, ja, man muss jetzt unsere Skepsis auch ein bisschen, jetzt könnte man ja denken, ja, Philipp, du bist ja immer so leicht, glaube ich, was dieses Geschäft hier angeht, ich sage, ja, und dann sagt man, ja, können wir das sehen, wir müssen das ja nachher auch wissen, dass wir wirklich das beschützen, nicht dass sie sagen, sie haben das Zeitungspapier drin oder sie haben jetzt hier nur 200 Euro abgehoben und, naja, und wir halten da nachher unseren Kopf hin und dann hat der uns wirklich das Geld gezeigt in dem Auto und, ja, also man muss sich das vorstellen, der Tom saß dann daneben mit so einem Grinsen so, ja, also, wenn der keine Ohren gehabt hätte, wäre das einmal rumgegangen, wäre die, wäre die, wäre die Kopfhaut abgefallen, das war für uns, das war für uns, ich weiß gar nicht, was das zu sagen soll, das war für uns fast surreal. Jetzt muss man auch dazu sagen, Maik und ich waren schon im Gangster-Modus, ja, klar, vielleicht, glaube ich, wir wollen an diesem Millionengeschäft, wollen wir teilhaben, wir wollen davon profitieren, wenn wirklich dieses Geschäft angeschoben wird mit diesen 150.000, danach werden Millionen gewaschen und wir greifen selber Riesenbeträge ab, warum sich dann mit 150.000 zufriedenzugeben? Es war jetzt natürlich so, dass andere Kriminelle, mit denen wir gesprochen haben, besonders auch aus Maiks Umfeld, hatten wir uns noch mit jemandem getroffen, der dann gesagt hat, ja Mann, wenn das wirklich in Berlin klappt mit den 150.000, scheiß drauf, wenn ihr Quartier macht in Mailand irgendwo, überfallen wir euch, stürmen da rein mit zwei Knaren, mit Sturmhauben, machen einen aufs Gusi Italiano Mafiosi und da sind die 150.000 weg und die teilen wir durch zwei Parteien. Die zwei, die überfallen und Maik und ich je 75.000. Wir waren als Security engagiert, aber wer engagiert schon solche Leute wie unsere Security? Ich will jetzt damit nicht sagen, dass ich nicht die Überlegung hatte, die hatten wir ganz massiv, uns selber ausrauben zu lassen. Das ist natürlich auch, jeder, der ein bisschen Serie und Film kennt, wenn Geldtransporte überfallen werden oder große Bargeldgeschäfte platzen, dann guckt man immer im Umfeld, wer wusste davon Bescheid, ja? Also so wild einfach mal jemanden irgendwie überfallen, der irgendwie eine Männerhandtasche hat oder so. Er hatte das meistens dann auch irgendwie nur eine alte Brille drin und einen Block von 2004 oder 1986 oder so, ja? Das ist jetzt so nicht die große Beute. Also gab es wirklich Pläne davon, wie wir das machen wollten? Die wollten dann auch hinterherreisen und so weiter und wir können das inszenieren und dann war das auch im Gespräch, ja? Ja, vielleicht müssten wir dann einen von euch irgendwie anstechen oder irgendwie, ja, noch schwerer verletzen, wo ich es so gesagt habe, dann aber bitte Mike, ja? Ja, dann immer bitte gerne der andere und da haben wir sehr intensiv drüber gesprochen. Aber wieder hatte, Gier fristieren, haben wir wieder gesagt, okay, warum die 75.000 nehmen, wenn wir doch das große Geschäft machen können, wenn es nachher um Millionen geht, dann lass doch das Geschäft anlaufen und wenn wir dann ein zweites oder ein drittes Mal fahren, dann machen wir einen Überfall, wenn es um eine oder zwei Millionen geht und dann lasse ich mich auch gerne mal anknipsen dafür. Nicht gerne, aber für den Betrag hätte ich mich anknipsen lassen. Und dann sind wir losgefahren und natürlich ist es eine lange Fahrt und die ganze Zeit nur das Gelaber von dem Tom, boah, da kriegt man auch so eine Bulette, ja? Ja, und sind wir runtergefahren, sind natürlich auch mit dem Typen ins Gespräch gekommen und haben ihn dann gefragt, okay, ja, weil der jetzt so, der sah halt nach nichts aus, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, Leute, die Geld haben, die tragen hier nicht Guki und sonst was und so. Leute, die richtig Geld haben, denen siehst du das nicht an, so Neureiche oder so, ja, oder die das so irgendwie, die das so zur Show stellen, da muss man auch mal gucken, wie viel ist das da wirklich dahinter und so weiter oder es ist nicht nur Ego polieren. Aber Leute, die wirklich Geld haben, können ja an andere auch mal hier kommentieren, Leute, die wirklich richtig viel Geld haben, denen sieht man das oft gar nicht so an. Dann haben wir ihn natürlich gefragt, wie er so zu seinem Geld gekommen ist, was er so macht und so weiter. Hat er auch Auskunft drüber gegeben und der war Goldsucher in Südamerika war der, was man hier so kennt von den Fernsehsendern, hier so D-Max oder so, der hätte da jetzt so keine Schürfanlage aufgebaut und so, sondern der hat von den südamerikanischen Indianerstämmen dort im Amazonas, hat der deren Goldadern gesucht. Jetzt könnte man sagen Goldadern. Und zwar hatte der mir das so erklärt, ich hoffe, meine Erinnerung ist richtig, hier kann mich aber jemand gerne verbessern. Es gibt ja hier genug Leute, die mich regelmäßig verbessern. Und zwar hatten die damals, so wie die Stämme, die dort unten, diese Urvölker, die da noch leben oder lebten, die hatten dann vom Amazonas immer, gab es ja auch Arme ab. Es gingen dann ganz viele Arme ab, die wurden immer kleiner, von einem riesengroßen Fluss bis hin immer kleiner. Und in diesen Seitenarmen, die wurden immer kleiner, haben sie nachher so Arme abgebuddelt, also so eine Art Drainage gelegt, kann man das so sagen? Ja, Drainage gelegt. Und da sammelte sich dann, über viele, viele Jahre sammelte sich da Gold. Das ist jetzt nicht so, wie wir das kennen, sondern die hatten dann eine Methode entwickelt, dass sie nicht nur diesen, heute wird ja fast nur Gold, kleine Goldkörner gefunden. Aber da in diesem Amazonasgebiet, in Amazonas, da wurden Nuggets gefunden. Und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein wirkliches Nugget gesehen habe. Und dann sagte er so, ja, ich habe hier sowas gefunden und ich habe so einen Seitenarm gefunden. Ja, also der hat so einen Seitenarm gefunden, den irgendwie, die haben die den vor Hunderten von Jahren angelegt und dann ist das irgendwann in Vergessenheit geraten. Und dann hat der dort Nuggets gefunden. Und der hatte um den Hals, hatte der so einen riesen Goldnugget. Ja, muss man mögen, ist wirklich, also der ist natürlich krumm und schief, ist goldgelb und so einen riesen Nugget um. Und der hat uns auch erklärt, dass Goldnuggets teurer sind, als so dieses zusammengeschmolzene, zusammengeschmolzene Gold. Ich hoffe, das habe ich jetzt so richtig in Erinnerung und wenn, also nur mal so als Hintergrundinformation. Und das hat der uns erzählt und der, und wenn man so einen Nugget um den Hals trägt, wo er sagt, dieses Nugget kostet irgendwie auch mal 10, 15, 20 Mille oder sonst was und sagt, Geld spielte für ihn danach keine Rolle mehr. Dann weiß man, über was man so spricht. Ja, also, das muss unendlich, also, jetzt nicht so ein Ingerschatz oder so, aber es muss so viel gewesen sein, dass er auf jeden Fall danach nie wieder einen Handschlag gemacht hat. Er hat sehr, sehr viele Jahre dann auch da dort im Urwald verbracht und so weiter und das war seine Geschichte, die er uns erzählt hat. Zu dem Wahrheitsgehalt kann ich nichts sagen. Auf jeden Fall hatte er diesen Nugget um und war auch so ein Typ, den hätte man so über den Urwald abschmeißen können, wäre er mit seinen Wanderschuhen dann auch gleich parat gewesen, dort Kilometer zu machen im Wald. So, runtergefahren, Geld wirklich dabei, ja. Maiko und mir kribbelte das natürlich in den Finger, wenn es um Geld ging. Wir wussten, jemand anderes sitzt, aber mit 150.000, ja, und dann Tom und so weiter. Wir mussten dann auch immer wirklich mit Tom sprechen. Alter, Digga, wenn du den abziehst und wir kriegen das raus und hier passiert irgendwas, ja. Weil wir wussten schon, der hatte auch so viel kriminelle Energie in sich, dass der auch uns dafür auch über, ich sag jetzt mal, dass er uns nicht über einen Jordan vielleicht schickt für die Summe, aber der wäre schon bereit gewesen, ja, uns zumindest bis zu einem gewissen Grad zu opfern, um seine Schatulle zu füllen. Und, ähm, ja, das war uns klar, dass wir uns ganz klar kommuniziert haben. Dann sind wir in diesem Hotel angekommen und, ähm, dann gingen die Vorbereitungen los, ja. Dann haben wir wieder in diesem Hotel eingecheckt und der Typ, der war, der war relativ entspannt. Und dann sind ja die Tanja und der Vermittler, ähm, dann sind zwei Vermittler noch aus Berlin mitgekommen, also die Tanja und zwei ältere Herren so als Vermittler, ich sag mal, damals, was waren die, so um die 65 an die 70 ran, ja, auch alle immer so im Anzug, aber war jetzt nicht so ein Anzug so, wo ich gesagt habe, okay, maßgeschneidert und, äh, ja, das war jetzt noch nicht so, dass die mich beeindruckt haben, ja, wir können, wir können da jetzt auch bei irgendeiner Bank irgendwie am Empfang stehen, so, ja. Waren wir dann so als Team irgendwie alle unten, Stimmung untereinander, ist jetzt nicht so, dass wir dann zu sechs und zu sieben losgingen und haben gesagt, oh, jo, coole Zeit und so weiter, sondern diesmal war klar, wir bleiben in der Nähe des Geldes, das muss diesmal klappen, der Anwalt und Notar da unten, der Levi, der ist bereit jetzt auch und es wird jetzt zu diesem Treffen kommen. Okay, wir starten in den Tag, wir starten in dieses, in dieses, in den Tag hinein und dann sollte es um neun losgehen, wir haben gefrühstückt, sind raus und das Geld, alles parat und alle ganz aufgeregt, nachher fahren wir in die Schweiz rüber, werden das Geld umtauschen und, ähm, das wird hier alles reibungslos und wir können schon mal Immobilien suchen, wir können schon mal Autos aussuchen und ein Jumbo-Jet. Und, äh, neun Uhr Termin, hat nicht geklappt, elf Uhr hat nicht geklappt, irgendwann hieß es 14 Uhr zu der und der, wie kann man es anders sagen, zu der und der Pizzeria. Wo wir natürlich auch gesagt haben, okay, warum treffen wir uns nicht, warum treffen wir uns nicht in seinem Büro, ja, also, warum, warum irgendwie so an einem öffentlichen Platz machen, da schwingen mehrere Ideen mit, ja, öffentlicher Platz, warum? Leicht zu überwachen, es sind Außenstehende, ja, wir wissen nicht, wer ist Freund, wer ist Feind, wer überwacht uns, wer macht Fotos, wie ist der Laden präpariert, ja, äh, wir kennen uns nicht aus, schöne Scheiße, ja, wir hätten es natürlich am liebsten gemacht, in dem Hotel, wo wir waren, ja, in unserem Hotelzimmer hätten wir die Kontrolle gehabt, aber der, oh, nee, nee, ich komme hier da nicht, ich komme doch nicht mit den Schweizer Franken, weil er ja auch die Schweizer Franken mitbringen sollte, ja, also er sollte ja bei dem ersten Geschäft 150.000 Euro kriegen, dafür sollte dann als Test, sollte es dann irgendwie bei dieser Abmachung dann 500.000 Schweizer Franken zurückkriegen, wäre auch schon ein Bonusgeschäft gewesen, um die dann in der Schweiz zu tauschen, ja, Geldwäsche, ganz einfach, ja, so, Pizzeria treffen wir uns, okay, Einwände, Scheiß drauf, Scheiß drauf, wir uns Einwände auch beiseite gewischt und haben gesagt, mal gucken und, äh, dann hat er gesagt, ja, nee, äh, mein Büro weiß ich nicht, ähm, wegen auch Überwachung und so weiter, lassen wir, nehmen wir einen neutralen Ort, wir, okay, alle sagen, ja, na klar, müssen wir machen, müssen wir machen und, äh, ja, dann sind wir zu dieser Pizzeria gefahren und dann standen wir so davor, wir hatten den mit dem Geld in der Mitte, Tom stand da, die Tanja stand da, die anderen Vermittler standen da alle und, ähm, dann ist, dann ist so eine S-Klasse vorbeigefahren und, dann kam natürlich ein Anruf bei der Tom oder bei der Tanja und kam ein Anruf und hat gesagt, ja, hier sind ja, was sind das da alles, was sind das da alles für Männer und besonders hat er gesagt, ja, was sind das da für, was sind das da für zwei Sumo-Ringer, die da, ja, die da mitstehen und so weiter, da hat er Angst drum, er will nicht überfallen werden und so weiter, er sagt das Geschäft ab. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, ja, und dann Geschäft abgesagt und nein, am Telefon, nein, nein, alles klar, wieso denn, ja, ich komme doch alleine und ich muss mich doch auch irgendwie alleine mit, mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit dem Vermittlertreffen oder der Tanja, also höchstens ein oder zwei Personen, aber das ist Maximum wenn, ja, weil er hat so viel Angst um seine Schweizer Franken und um das Geld und wir, er kennt uns nicht und wir dürfen auf gar keinen Fall zu sehen sein, wir müssen mindestens, wir müssten mindestens 150, 200 Meter, müssten wir, müssten wir weg sein. und, ähm, wir dann eingelabert, wir sollten ja dafür bezahlt werden, wir wollten ja profitieren an dem, also an dem Geschäft, an dem Folgegeschäft, an dem Geldgeschäft, aber natürlich wurden wir auch bezahlt, Security zu machen, ja, zweieinhalbtausend Euro pro Person oder was weiß ich, wie das dann damals bei der dritten Tour geregelt werden sollte und, äh, dann haben wir gesagt, ja, aber wenn ihr da reingeht, äh, und jemand anderes überfällt euch und dann sind beide, äh, Geldkoffer weg, dann, äh, sind wir aber raus, wir werden trotzdem bezahlt. Dann gab es dann hin und her Diskussion und dann 15 Uhr, 15 Uhr 30, keine Ahnung, und dann immer wieder mit dem Anwalt da gesprochen, mit dem Levi und ja, okay, okay, wir, wir kommen zu zweit, wir bringen den Koffer mit, mit rein, mit dem, ähm, mit dem Bargeld kontrollieren, weil er auch gesagt hat, okay, ich hab, ich hab, äh, hier ein Kontrollgerät für Geld mit, ja, also hier Echtheit und, und ja, wir, wir, also wir nicht, aber ja, klar, wir wollen das ja gegenseitig kontrollieren, da haben wir ein bisschen Zeit, unsere Security bleibt dann weg und die anderen stellen sich auch mit beiseite, sind wir im Auto geblieben und haben das beobachtet. Und, ähm, dann sind die, dann saßen wir, das war jetzt, was war das jetzt mittlerweile, war 17 Uhr oder so, hat sich richtig langgezogen, Nerven lang, bei allen Blanken, ja, man steht da mit dem, mit dem Geld rum, ja, man will unbedingt, dass dieses Geschäft klappt, es hat viel Geld gekostet mittlerweile, viele Nerven, alle sind angespannt und dann sitzen wir in diesem Auto und dann gehen sie wirklich, ähm, dann kam, dann kam der Anwalt, der kam so aus, von der Seite, so dass wir es nicht gesehen haben, wie er gekommen ist, kam ganz alleine, war, sag ich mal, recht schmächtig, ja, im Vergleich zu mir, aber, sag ich mal, was sehe ich, äh, italienische 1,70, ja, äh, relativ schlank, äh, im Anzug und kam mit dem Koffer um die Ecke und wir dann so, okay, ja, wir gucken so aus dem Auto, ja, okay, der ist da, der kommt sogar alleine, wir sehen nichts anderes und so, äh, war jetzt nicht so die mega befahrene Straße, äh, recht normaler Verkehr, aber jetzt auch nicht irgendwie ein wichtiger Verkehrspunkt oder so, ja, äh, in so einem, in so einem Suburban Vorort Mailand, so, ja, war jetzt auch kein Italiener, wo man sagt, da hat jetzt Don Giovanni La Pizza, äh, irgendwie Sterneküche gemacht und alles Jubel, Trubel, Heiterkeit, sondern irgendwie so irgendeine Pizzaklitsche um die Ecke. ist der reingegangen, wir beobachten und dann hat sich das, und dann, äh, dann ein, 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 zwei Minuten, ein, zwei Minuten später sehen wir das, wie der Typ, wie der Typ rausstürmt, dieser Anwaltnotar stürmt aus der Tür raus mit dem Koffer in der Hand und dann kommt ein Auto angefahren, ich sag jetzt mal irgendwie sowas, ein Fiat Punto oder so, ja, so ein weinroter Fiat Punto kommt angefahren, schmeißt die Tür auf und der springt in dieses Auto und düst ab. Wir solle großen Augen, die anderen zwei, die sich da getroffen hat, der, der, der Tom und hier dieser mit dem, mit den Nuggets, ja, die kommen aus der Kneipe, die kommen aus dieser Pizzerie raus und fuchteln und so ran und komm, 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 ja, und fuchteln und fuchteln da so rum und, ja, wir ab, Auto an, Gang rein, Automatik, ja, und gib ihm und, ja, was da passiert ist, Leute, es tut mir leid, aber das werde ich euch im nächsten Teil erzählen, wo es dann wieder in Italien, das weitergegen, was da noch alles gekommen ist, es ist so unglaublich, es ist, kommt man nicht drauf, kommt man nicht drauf oder ratet einfach mal in den Kommentaren, Leute, als Kanalmitglieder kriegt ihr immer alle Infos, ganz, ganz viele Bilder, Videos, kommen alle zwei, drei Tage, neues Material, kriegt ihr als Kanalmitglieder und ihr unterstützt unsere Arbeit, genauso wie die Leute von Patreon, vielen lieben Dank an alle, die das machen, unterstützt uns gerne auch als Verein bei extremistlos, die hier diese Aufklärungsarbeit machen, ganz viele junge Leute, die sich melden über Instagram und so weiter, Facebook, ihr könnt überall Kontakt aufnehmen, schreibt uns gerne Mails und, ja, lasst einen Daumen oben da, Daumen runter, wenn ihr mich und meine Arbeit scheiße findet, aber dann guckt doch gerne was anderes, YouTube, aber so viel Content und kommentiert gerne und, ja, ich freue mich, dass ihr dabei wartet und verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste. Moin Leute, da melde ich mich mit dem zehnten Teil, Multikriminell, ja, Italien, 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 Mailand, Scusi, äh, wir wurden weggeschickt, wir sollen eigentlich Security machen für den Nuggetmann, ja, für den, für den Goldsucher, Amazonas, Südamerika, große Geldgeschäfte, Millionen, Währungstausch, Geldwäsche und so weiter, ähm, nur damit ihr mal wisst, woher der Begriff Geldwäsche kommt, Geldwäsche kommt, ähm, äh, nach meinem Stand daher, dass die Mafia damals über Waschsalons, ähm, weil es ein Bargeldgeschäft ist, was man schwer nachkontrollieren kann, dass sie ihr Geld über Waschsalons gewaschen hat und deswegen heißt das Geldwäsche, weil man das über Waschsalons damals haben sie große Beträge eingezahlt, kann man nicht nachvollziehen und danach hatte man sauberes Geld, daher kommt, glaube ich, der Begriff Geldwäsche. Okay, groß aufgezogen, viel Geld, 150.000 Euro, wirklich weg, wir sitzen im Auto und auf einmal stürmt dieser Typ raus, ähm, der, der Anwalt, dieser Notar stürmt raus, läuft ins Auto, wir wissen noch nichts, wir gangen rein, also ich gange rein, wir waren ja wieder mit unserem Auto, das andere Auto hatte ja vor dem Gotthardtunnel gebrannt, das heißt, ich durfte wieder mal, was weiß ich, ich zweieinhalbtausend Kilometer auf mein Auto raufbrummen, ja, äh, ist ja auch sehr undankbar, wenn man dann so ein, äh, was weiß ich, ein halbes Jahr altes Auto hat oder so und dann ballert man dann für nichts und wieder nichts irgendwie fünf oder zehntausend Kilometer rauf, das ist auch nicht so schön. Auf jeden Fall sind wir jetzt rangepast, ja, die standen fuchtelnd vor dem, die standen fuchtelnd vor dem Laden und, äh, und wir dann rangefahren, wir hatten es gesehen, was weiß ich, ein Weinroter, ein Fiat Punto, irgendwas, so ein Auto, das aussieht wie so ein Ei, ja, und, ähm, wir standen, wir Fenster runter, die Tür auf, Tom reingesprungen, den Nuggetmann haben wir stehen lassen und dann, jo, wir müssen hinterher, wir müssen hinterher, der hat die 150.000 gegriffen. und, äh, der hatte, der hatte dann noch, ähm, den, den Koffer, den der, den dieser Levi, dieser Anwalt mitgenommen hatte, der hatte das, der hatte diesen Koffer, ähm, dann bei mir ins Auto geschmissen. Und wir so, ja, wo ist das Problem, wo ist das Problem? Und Tom uns zugeschrien, das ist alles falsch Geld von dem, das ist alles falsch Geld und so. Und, äh, scheiße, wieso scheiße, scheiße, wo ist der eben mit den 150.000? so viel hinterher gepäst, aber man muss sich das so vorstellen, das ist, äh, von einer nicht, sehr stark befahrenen Straße, eine Straße weiter, in so eine Hauptstraße rein. Und ich sag mal, Mailand, es ist wie in einem Klischee, es ist, wie man sich das in Italien vorstellt, es fahren die Roller, niu, 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 mach das ja, ich will das jetzt nicht nachmachen, ja, aber es sind wirklich, es sind Tausende von Rollern unterwegs. Ein Fiat Punto zu suchen, irgendwie in Italien, in Mailand, der war natürlich weg, der ist dreimal zickzack gefahren, wir sind dann noch rum, haben versucht, den zu finden. Ich sag ja auch, was soll ich denn machen, wenn ich den sehe? Ja, dann ramme ihn oder so. Ich sag ja, na toll, ja, weißt du, ich ramme dann mit meinem neuen Wagen, ramme ich dann ein Fiat Punto, unversichert oder sonst irgendwas und ich stehe nachher in Italien da mit wirrem Haar. Ist egal, auf jeden Fall Adrenalinstoß, sofort Adrenalinstoß, ja, das Geld ist weg, die 150.000 sind weg. Und dann haben wir versucht, so ein paar Straßen abzufahren, aber, ich sag mal so, keine fünf oder sieben, fünf, sieben, acht, neun Minuten später sind wir zu so einer Parkbucht gekommen, da bei dem Italiener, wo wir vorher gewartet hatten. Da standen dann die Tanja und dieser Vermittler, alle sind auf 180, die 150.000 weg, der Nuggetmann steht da, Tom, Tom ist wirklich kreidebleich. Ich erinnere mich noch, ich und Mike raus aus dem Auto und der Vermittler und Mike war ja sowieso erst mal, erst hauen, dann denken, der ist sofort raus, ist zu einem dieser 65, 70-jährigen Typen und sofort eine durchgekehlt mit der Geraden, hat sofort, man hat richtig gesehen, wie platzt, Gesicht sofort aufgeplatzt, von Lippe bis Nase, sofort blutig gekloppt, der Typ ist sofort zu Boden gegangen, ja, Tom hat noch so mit der, mit der Hinterhand eine Ohrfeige bekommen, dass seine Knochen mal zusammenklappern, der andere hat dann, der andere stand dann so, hört auf, hört auf und rumgebrüllt und dann habe ich dem anderen noch eine, ich meine, eine Ohrfeige habe ich gehauen oder so, das war, da ist meine Hemmung und meine dann zu groß, irgendwie so 65, 70-Jährige so, ja, aber eine Ohrfeige gab es, Mike wollte gar nicht aufhören und hat die angebrüllt, dass sie da mit dahinter stecken, ja, das, weißt du, das ist hier eine aufgezogene Sache und so weiter und, und die, die sollen abpissen und sie stehen für das Geld gerade und wir wollen bezahlt werden, ja, man muss sich jetzt vorstellen, ein Riesentumult, ja, der blute Tanja steht da, Tom so, ich weiß davon nichts, ich weiß davon nichts und wir wurden alle reingelegt und so weiter und Mike ist draußen dann ausgeflippt, ich bin zu diesem, ich bin zu diesem, äh, zu diesem Goldkoffer hin, der lag ja bei mir im Auto, bin zu diesem Goldkoffer hin und dann hat man das gesehen, dann waren da so, waren da so Geldbündel drin, da, da habe ich Gott sei Dank meine letzten Gehirnzellen zusammengerauft und da habe ich mir das angeguckt im Auto ganz schnell und habe das gesehen, dass das natürlich nur so manipulierte, es waren nicht mal kopierte, es waren kopierte, aber wirklich nur so über so einen Farbkopierer rübergezogen, ganz normales Papier, nur das ist auf den ersten Blick und obendrauf waren, ähm, 100 Schweizer Franken, äh, hunderter Schweizer Franken Banknoten, waren obendrauf, immer nur so ein, immer nur so ein paar Stück und da habe ich mit der Hand auf den, dann lagen da, was weiß ich so, 20 oder 25 Geldbündel und obendrauf waren überall, was weiß ich, 5 oder 6 Hunderter Originale, ja, und habe die überall abgerissen, ja, und habe die mir alle in die Tasche gestopft, ja, und, äh, ich sage jetzt mal so, was waren das vielleicht, 5, 6.000 Schweizer Franken, ich konnte es ja auch vor Ort nicht zählen, ich hatte es, es hat auch keiner mitbekommen und habe dieses, habe dieses Geld runtergerissen, hat sich auch erst mal keiner drum gekümmert draußen, ja, der Typ lag auf dem Boden und hat, ich will nicht sagen, der hat geheult oder so, aber alle haben gejammert, alle hatten Angst, dass wir die jetzt halt alle zermöbeln und so weiter und dieser Typ mit dem, mit dem Gold Nugget da, steht da und der war auch relativ wütend, also das muss man sich mal vorstellen, nur, dass ihr da ein Gefühl für bekommt, ich glaube, da merkt man das, über was für Geld man auch spricht und da erinnere ich mich wirklich glasklar, erinnere ich mich da dran, wie der Typ, wie, wie der Typ dann sagt und das Geld ist weg und der regt sich auf und da hat der gesagt, Mist, 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 150.000 gerade weg, Mist, ja, Mist, Mist, Mist sage ich so, wenn ich rausgehe mit dem Hund mit Rudolfo und ich muss spazieren gehen im Regen, das ist Mist, 150.000 weg ist schöne Scheiße und ich mag mich hier gar nicht so doll aufregen, wenn der Hund das 150.000 wäre, die bei mir, es ist so, es ist auch so surreal, wir stehen auch in dieser Parkbucht drin, dieser Koffer, allen wird sofort klar, dass das hier einfach ein riesen Betrug war und ich mag es gar nicht erzählen, wie das zustande gekommen ist, ich muss noch ein bisschen damit warten, also es wird in dieser Folge aufgelöst, ich verspreche es euch, aber wie es überhaupt dazu gekommen ist, weil dann werdet ihr sagen, meine Güte, Hashtag, dir frisst Hirn, Philipp, könnt ihr alle unter diesem Video machen, das würde ich voll verstehen, aber ich bin nur ein Teil, ein Mini-Teil, ich habe ja Tom und den anderen geglaubt, stehen da, alle haben Angst, das Geld ist weg, alle sehen ihre Träume platzen, so Seifenblasen, weißt du, wisst ihr so, die steigen in den Himmel auf und alles, der Ferrari, Immobilien, Firma gerettet, alles zerplatzt, nix, Geldwäsche in der Schweiz, keine Schweizer Franken, Millionen Euro umgetauscht und wir kriegen Provisionen und Kredite und so weiter. Meine Illusion platzt mit, aber ich hatte, doch, ich hatte mich schon irgendwie darauf gefreut, wenn das klappt, das bin ich ganz ehrlich, aber ich hatte es noch nicht in meinem Kopf so ausgegeben, wie die meisten anderen. Da bin ich dann doch noch mal ab und zu mal Realist gewesen. Die beiden älteren Vermittler haben wir da liegen lassen, scheiß drauf, interessiert uns nicht, interessiert uns auch nicht, wie die zurückkommen, wie die das machen, ob die verletzt sind und so weiter, scheißegal. Wir haben den Nugget-Mann uns gegriffen und den Tom und die Tanja und wir haben dann beratscht und haben gesagt, okay, wir haben hier rein, theoretisch haben wir nichts Illegales gemacht, so aus unserer Sicht. Das ist dann so Gangster-Denke, ja, so, ja, okay, wir wollten Geldwäsche mit dem Geld machen, aber wir haben keine Geldwäsche gemacht, jetzt sind die 150.000 Euro weg, jetzt kann man ja zur Polizei gehen und wir sind dann zur Polizei gefahren, ja, also, der Mike, ich, Tom, Tanja und Nugget-Mann sind dann zur Scuderia oder wie heißt sie? Ne, das ist die, das ist Fußball. Scheiße, die heißt, Guardia Civil ist es in Spanien, Sondermarie, Spanien, Frankreich, La Policia, also, keine Ahnung, zur Polizei und sind zur Polizei gewandt, ganz normales Polizeirevier und dann Tom mit seinem beschissenen Italienisch, ja, scusi, scusi, ja, halt deine dumme Fresse, halt, ja, weißt du, versucht einen italienischen Polizeibeamten zu finden, aber da waren Mike und ich und haben gesagt, okay, wir halten uns zurück, uns geht das jetzt hier echt nichts an, ja, also, die sollen das mal mit ihren 150.000 erklären, warum sie in einer Pizzeria 150.000 Euro in Mailand übergeben an einen, an einen windigen Anwalt, Notar, ich denke, ich denke, es dürfte jetzt jedem klar sein, dass dieser Levi kein Anwalt und kein Notar war, das sollte mittlerweile klar sein, die Adressen und so weiter, alles war natürlich alles fake, keiner hat das gegen gecheckt, auch wir als Super Security nicht, Tom nicht, Tanja nicht, keiner von denen hat das gegen gecheckt, ja, Professionals, und, ähm, zur Polizei rein, der Polizei das mitgeteilt, kommt auch sowas wie die italienische Kripo und haben dann gesagt, so und so, es geht um, äh, um Levi und, äh, dann wurde das relativ schnell, schnell bekannt, dass uns die italienische Mafia gesagt, äh, dass die italienische Polizei uns gesagt hat, ja, äh, wir sollten uns dran gewöhnen, dass die 150.000 Euro weg sind und, dass wir nicht der italienischen Mafia auf den Leim gegangen sind, sondern, dass das sozusagen, wie man sie nennt, die Zigeuner-Mafia, die Sinti und Roma-Mafia ist und, äh, der sind wir in Italien auf den Leim gegangen. Da hieß es ja, aber die 150.000, wir können den Typen recht gut identifizieren und, ähm, es war dann auch damals schon bekannt vorher, dass er auch irgendwie ein Ferrari hat und wir haben das der Polizei beschrieben, um wen das hier gehen könnte und die Polizei hatte relativ klar zu uns gesagt und hat gesagt, die Polizei fährt in das Gebiet, wo die jetzt agieren, fährt sie nicht rein und wird für unsere 150.000. Was immer wir machen wollten, war der Beamte relativ klar in seinem Englisch uns gegenüber. Was immer wir, welche Geschäfte wir mit denen machen wollten, sollten wir uns überlegen, ähm, wie wir jetzt hier in Italien weiter verfahren wollen. Diese Ansage war relativ klar, ich bin in meinem Englisch, bin ich noch so gut, um zu verstehen, was er uns sagen wollte, das hat uns nämlich gesagt, wir sollten uns in unser Auto setzen und wir sollten uns wieder nach Deutschland verpieseln. Sie haben gesagt, sie werden da nicht reinfahren, sie werden nicht dieses, äh, Geld jagen, sie werden auch keine Durchsuchung in diesem, es sind so richtige Viertel, die dort sozusagen unter deren Kontrolle stehen, ähm, dass sie dort nicht rein gehen fahren und wir natürlich auch erst mal erklären sollten, was wir mit diesen 150.000 mit, äh, machen wollten. Also welche, welche geschäftliche, äh, Unternehmung hatten wir vor mit diesen, mit diesen Leuten. Welche Unterlagen, welche Akten wir da haben? Ja, da war ja Tom auch ganz groß im Geschwafel und Tanja. Die Unterlagen können dann per Post aus Deutschland geschickt werden und dann wenden wir uns in die deutsche Justiz und der, der italienische Polizist dann so, ja, machen sie mal, machen sie mal. Also, das werden wir dann sehen und dann dieser, äh, äh, haben sie die Vermittler dann noch angerufen und gesagt, wenn die hier kommen, gar nichts. Und das war alles ein riesen Brimborium. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wir sitzen in diesem Polizeirevier. Es war dann auch, mittlerweile war es jetzt 20, 21 Uhr, ja, und wir hatten uns alle vorbereitet, dass wir in die Schweiz fahren und das große Geldgeschäft, Tauschgeschäft machen und so weiter. Und das ist ja alles zerplatzt wie eine Seifenblase. Ich kann das jetzt vorwegnehmen, es ist so natürlich, dass, äh, es wurde eine Anzeige erstattet, äh, ich meine auch, dass der Nuggetmann diese Anzeige erstattet hat, es ist natürlich nie wieder was gekommen. Ich kann mir vorstellen, dass das bei der italienischen Polizei auch nie Rundablage, äh, gekommen ist, sprich Mülleimer. Und, ähm, wir nie wieder was aus Italien gehört haben. Diese 150.000 Euro sind in den Rentenfonds von dem Levi gegangen. Ich meine sogar, dass, äh, es sogar nachher rauskam, dass Levi sogar der richtige Name war, ähm, noch auf dem Polizeirevier und so. Die wussten sogar, wer das so ungefähr ist, aber haben gesagt, das ist eine Sache, da sehen sie nicht ein, für irgendwelche, äh, für irgendwelche, äh, German Gringos da, ähm, loszugehen und dann sich, äh, dementsprechend, sich vielleicht diesen Ärger auf den Hals holen. Ich will der Polizei nicht so entstellen, aber die hatte gesagt, das war so dubios für die, da haben die gesagt, das, eins, was sie uns ganz klar noch mitgegeben haben, haben gesagt, sie würden uns absolut davon abraten, selber dort hinzufahren und versuchen, Recherchen zu übernehmen und auf die Idee zu kommen, dort jemanden abzufangen, dort in diesem Gebiet auf die Suche zu gehen, nach diesem Geld rumzufragen und so weiter, haben sie uns ganz massiv von abgeraten und haben gesagt, wir sollten lieber zusehen, dass wir wieder, äh, Richtung Schweiz, Richtung Deutschland fahren und das hier als Lehrgeld abhaken. Ich sage ja immer wieder, Mist. Ich hatte mittlerweile dem Mic gesteckt, dass ich, dass ich die Schweizer Franken runtergezogen habe, das hatte ich ihnen dann auch relativ glücklich noch gemacht, ich hatte dann Pi mal Daumen auf Toilette mal durchgezählt, hatte dann auch gesagt, dass ich so circa, was ich zwischen 4.000 und 6.000, äh, Franken sozusagen erbeutet habe, das, was ich überblicken konnte und, ähm, dass wir zumindest unsere Kosten raus haben, dass wir ein bisschen Geld damit verdient haben. Haben das auch dem Tom nicht gesagt und so weiter, ich erinnere mich nämlich noch, wo sie zum Auto gekommen sind, dass sie dann gesagt haben, dass dieser Nugget-Mann dann sagte, ja, aber wir haben doch hier ein paar Scheine kontrolliert, hier war doch auch was Echtes dabei, wo ist das echte Geld denn? Ja, und dann wir so, ja, ne, keine Ahnung, also, wir nicht, aber wir waren auch nicht mehr so in der Laune, war jetzt auch scheißegal, was der Nugget-Mann denkt und was die anderen denken, für uns waren die alle da zu dem Zeitpunkt gestorben, ist und so, scheißegal, da lasst uns bloß in Ruhe und wo ist unser Geld? Die wussten ja auch nicht, sie konnten uns das ja nicht unterstellen, dass wir das haben, wahrscheinlich haben sie es alle vermutet und haben es gewusst, aber sie konnten uns das ja nicht unterstellen und dass sie sagen, ja, ihr habt das Geld und so, haben wir gesagt, ja, so, nö, haben wir nicht, die haben ja keine Taschenkontrolle, weil mir war jetzt nochmal einer in Ordnung gegeben. Tja, die beiden Vermittler waren uns scheißegal, Tom und diese bescheuerte Tanja mussten wirklich bei uns darum betteln, dass die in dem Auto mit uns zurückkommen. Irgendwann haben wir dann nachgegeben, haben ihnen gesagt, sie sollen auf jeden Fall, wenn ein Wort aus deren Mund kommt, während der Autofahrt, fahren wir rechts ran und dann gibt es einen längeren Krankenhaus und Aufenthalt, egal wo, egal wie. Also, das war eine sehr, sehr ruhige, spannungsgeladene Rückfahrt, wie man sich das vorstellen kann. Wir sind ja auch erst 21, 22 Uhr losgekommen, wir sind die Nacht durchgefahren von Mailand nach Wismar damals. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir gebraucht haben, aber es war mit Sicherheit, dass du fährst gute 10 Stunden oder 10, 12 Stunden mit Pausen und mal Raststopp ran und so weiter. Das ist schon ein ganz schöner Trip, den man sich nicht mal so schnell aus dem Ärmel schüttelt. Haben wir uns dann geteilt, der Mike und ich, weil der Tom natürlich als Superbetrüger nur einen gefälschten Führerschein hatte. Da war ja auch alles einfach immer Kraut und Rüben. Und die Tanja, die wollten wir gar nicht, die wollte ich gar nicht mehr sehen. und sind dann zurückgefahren und irgendwann sollte das dann, haben wir das abgehakt, wir haben die Schweizer Franken eingetauscht, haben davon unsere Kosten so gedeckt, Sprit und ich habe ein bisschen mehr bekommen für die Autofahrt, da haben wir uns das aufgeteilt und haben das irgendwie als, ja wie soll man sagen, fast als lustige Anekdote mit abgehakt. Wir dürfen nicht vergessen, wir selber wollten uns erst bei diesem 150.000 Euro Geschäft wollten wir uns noch mit eigenem Kapital mit 25.000 oder 50.000 Euro selber beteiligen. Ja, wir hätten gerne selber die 150.000 ausgeraubt, was wir hätten noch machen sollen, aber die Gier hat wieder Hirn gefressen und Gott sei Dank haben wir jetzt dann nicht auch noch unser eigenes Geld mit verloren. Das war so raffiniert und gut gemacht, mit reingesprungen und so weiter und können wir jetzt sagen, ja gut, ihr habt euch vorführen lassen, aber das ist, wenn alle glauben wollen, so funktionieren Betrügereien. Ich weiß, jetzt gucken alle so von außen drauf und sagen so, boah, wusste ich, war so leicht, wie kann man sich so betrügen lassen und so weiter. Ja, Leute, wenn ihr im Nachhinein eine Serie seht und so weiter, so ist das passiert und welche unglücklichen Zufälle und was geklappt hat, wie, was, wer organisiert hat. Kriminelle, organisierte Kriminalität wird ja deswegen auch härter bestraft, weil da so viel kriminelle Energie drin steckt. Kriminelle setzen sich genauso ran und dann irgendwelche Businessleute setzen sich ran und machen einen Businessplan, einen Halbjahresplan, Jahresplan, Fünfjahresplan, und wollen wir in zehn Jahren sein, handeln Strategien aus. Ähnlich, müsste man das sagen, ist es bei Kriminellen auch, die ihre Aktionen planen, wie man sowas macht. Und da sollte man ganz vorsichtig sein mit dem Fingerzeig, dass man nicht auf sowas reinfällt, weil Betrügereien, da sind schon ganz andere Leute drauf reingefallen. Waren wir irgendwann zurück, der Tom und die Tanja hatten sich ja auch gegenüber diesem Unternehmen, also wir sind hier Immobilienvermittler, Immobilienmakler, wir machen große Goldgeschäfte und was weiß ich, was die ja alles da rum posaunt haben. Dann hat er natürlich versucht, dieser Nuggetmann und diese Firma, die da aus Plau am See kamen, die haben natürlich versucht, dann irgendwie Tom und Tanja in die Haftung zu nehmen, dass sie das Geschäft angebahnt haben. Die haben sich gewundert, als die dann natürlich rausbekommen haben, und dass Tom und Tanja beide auch im Gefängnis schon gesessen haben wegen Betrug und so weiter. Das haben wir dann nachher nicht mehr so genau verfolgt. Wir beide haben das dann einfach nur noch so irgendwie ad acta gelegt. Scheiße, was für eine lustige Kack-Anekdote einfach. Und es ist auch so, jetzt könnte man auch sagen, der Tom war von zerlegend. Nein, Tom ist noch viele Jahre an unserer Seite geblieben und der Tom wird auch immer wieder mal auftauchen mit Storys. Der wird auch nachher in dem Drogenhandel wieder auftauchen und so weiter. Da wird ein bisschen was kommen. Das wird also noch mal ganz spannend. Das große Geld, das große Geld sollte verdient werden. Wir mussten uns jetzt ein bisschen drauf konzentrieren. Ich hatte ja die Einnahmen aus dem Tattoo-Laden. Der Mike hatte immer wieder mit seinem Jingling-Zigaretten-Kram zu tun. Auch das werde ich in den nächsten Folgen mal erzählen, dass es da um Zigaretten-Schmuggel geht, wie wir versucht haben, aus Polen direkt Zigaretten zu besorgen. Auch vermittelt von dem Tom. Also das wird, glaube ich, ganz lustig, wenn ich die Geschichte in den nächsten Teilen erzähle mit den Zigaretten. Und wir haben jetzt kleinere Geschäfte mit angestoßen. Es gab ja immer noch den Danilo in unserem Freundeskreis, der die rechte Hand des Paten war, des Paten aus Rostock, der viele Kontakte hatte. Und der hatte halt viel mit Autos zu tun. Und wir sind dann auf die Idee gekommen, okay, wir müssen jetzt, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Kapital wieder. Und was ist denn besser, als wenn man jetzt neue Autos hatte? Der Mike hatte sich mittlerweile auch über einen Bekannten ein Auto leasen lassen oder finanzieren lassen, ja, weil er selber konnte das nicht, war damals noch nicht schufa-frei oder schuldenfrei. Und dann sucht man sich jemanden, der den Kredit aufnimmt, der kriegt dann für diese Kreditaufnahmen, kriegt er selber noch ein Handgeld über 2000, ist dann der Kreditnehmer, aber gibt das Auto dann denen weiter und der übernimmt die Rate. Kann ich jedem von abraten? Weil ihr unterschreibt, jemand anderes hat das Auto, was der mit dem Auto macht, Auto weg, Auto misshandelt, Auto scheiße, Auto irgendwas. Das ist dann, das ist dann, sag ich mal, dem Auto, Haus oder dem Autokonzern, es ist scheißegal, der, der unterschrieben hat, der, der es genommen hat, der ist dafür haftbar. Auf jeden Fall war es dann so, dass wir dann immer wieder gesucht haben, wie können wir mit vielen Kleinigkeiten Geld verdienen und das wären jetzt die nächsten ein, zwei Teile, wo ich das mal sagen werde. Und dann hat der Daniel gesagt, Mensch, schnelles Geld kannst du doch machen, einfach zum Beispiel, wenn wir an deinem neuen Auto, wo du jetzt die Kilometer raufgebrettet hast, einen Unfall mit hast. Ich sag, ja, Unfall klingt gut, müsste ich jemanden suchen, der die Prozente mit aufnimmt. Er sagt, ja, aber es gibt eine Gesetzeslücke, womit man das machen kann. Und zwar, wenn ein Anhänger, ein Anhänger hat keine eigene Versicherung bis zu einer gewissen Größe. Wenn man den Anhänger ankoppelt an das Auto, dann gilt die Versicherung von dem, also wenn man dann mit dem Anhänger irgendwo gegenfährt oder so, dann gilt die Versicherung von dem Auto vorne. Problem ist, also, also ein Anhänger kostet eine gewisse Versicherungssumme, aber da gibt es keine Prozente. Und wenn man mit dem Auto, mit dem Anhänger dran dann den Unfall baut, dann steigen die Prozente von dem Auto, weil das wird über das Auto gerechnet. Ich meine, so ist das. Dann steigen die Prozente nicht. Wenn der Anhänger abgekoppelt ist und der rollt dann mit schwer beladenem Schutt oder sonst was und rollt dann eine Auffahrt runter oder eine etwas steilere Straße runter, weil man ihn abgekoppelt hat, kriegt die nicht mehr zu halten und der rollt runter und plumpst dann ein Auto, dann steigen keine, dann steigen keine Versicherungsbeträge. Da haben wir doch gesagt, ach Mann, ist ja, ist ja gut zu wissen. Dann bin ich zu einem Geschäftsmann aus Wismar, mit dem wir später sehr, sehr viel gemacht hatten in Wismar, bin ich hin, der einen sehr großen Anhänger hatte und habe ihm von meiner Idee erzählt. Der Danilo war dabei, das kann gerne jemand kommentieren, der das auch so kennt, also auf jeden Fall war das so, Anfang der 2000er, Mitte der 2000er, Ende der 2000er, also 2007, 8 oder so, wo wir jetzt so sind und habe ihn darauf angesprochen und gesagt, Mensch, dein großer Anhänger und so weiter und der war selber, hat sein Geschäft sehr unsauber geführt, nach meiner Meinung will aber niemandem was unterstellen, weiß man nicht, aber war natürlich so offen, war auch so für uns offen, so uns da aufzunehmen und zu sagen, ja, so damit zu umgeben ist glaube ich heute auch noch so, weißt du, so das, ja, kenne ich alle, bin ich mittendrin und hat sich da auch relativ wichtig dann so aufgespielt und deswegen war der auch empfänglich dafür, wenn wir hingegangen sind und haben gesagt so, Mensch, mit deinem Anhänger, ich hätte da eine Idee, wir wollen da ein bisschen was mit machen, hat er gesagt, ja, wenn ich keinen Nachteil davon habe und so, dann könnt ihr das ja machen. Dann hatten wir uns eine Stelle ausgesucht auf dem Firmengelände und haben den Anhänger, das war wirklich ein Zweiachser und, also so, ne, sind doch so zwei, ja, wenn die so in der Mitte so doppelreifen sind, ja, genau, ja, ist glaube ich so, ich sehe das, ich bin voll der Experte, was so Technik angeht, Technik-Kong halt und wir haben dann, wir haben dann mein, mein Tour-Rack so geparkt so und war ein bisschen abschüssiges, abschüssiges Gelände und haben dann, haben dann mit dem Anhänger Schwung geholt, Schwung geholt, so aus fünf Metern waren zu viert, waren zu viert, also zu dritt, also Danilo, der Mike und ich waren dann dran, haben mit dem Anhänger gezogen, gezogen, sind dann die Auffahrt runtergelaufen und haben den Anhänger gegen mein Auto laufen lassen. Dann ist der Anhänger in die Tür geknallt, ich sage wirklich geknallt und dann stand der Anhänger da und dann haben wir den Anhänger weggezogen und dann war da eine Beule, sage ich mal, das war keine fünf Zentimeter, das war nicht mal richtig eingebeult, da kommt ein Beule und ein Doktor klebt da ein Kaugummi rein, schmögelt das ab und sagt, ist wieder repariert. Ich sage, das lohnt doch der ganze Aufwand nicht. Boah, scheiße, gut, und dann hat Danilo gesagt, ja gut, wir müssten sowieso, wir müssten ein bisschen mehr Seite haben, dass wir den Anhänger, also dass wir Kotflügel Tür, Tür treffen und dann ist egal, mit den Kratzern und tief auf, dann wird da ein Bild raus und dann drei Teile, da scheppert es dann Geld, weil er natürlich alle Connect gehabt hat, alles billig fertig zu machen, über Originalwerkstätten, kleines Handgeld nebenbei, alles hin und her, Schmug, Hauptsache, und dann hat man auch so einen Gutachter gehabt, der dann Geld bekommen hat und so weiter, war alles möglich. Wir haben den, wir haben den gerollt, wir haben den Wagen gezogen, gezogen und diesmal wollten wir richtig los und auf einmal hören wir, ey, was macht ihr da? Wir, den Wagen angehalten, schöne Scheiße. Naja, könnt ihr mal kommentieren, was da passiert ist oder wer da rumgebrüllt hat. Also, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Damit ist die Teilen beendet. Wir werden über jetzt viele kleine Geschäfte reden, die wir gemacht haben und Dinge, die wir abgezogen haben. Vielen lieben Dank fürs immer Dabeisein. Es gibt ganz viele Untergrundmaterial, Bilder, auch ganz viele Akten. Ich habe ganz viele Dachfunde jetzt auch noch und alles ist digitalisiert worden. Gibt es für die Kanalmitglieder, die dann auch die Emojis kriegen für den Livechat und die diese Arbeit hier unterstützen. Dankeschön an die Leute von den Kanalmitgliedern bei Patreon. Lasst einen Daumen um, Daumen runter, kommentiert immer ganz gerne. Ihr dürft auch Videos mal teilen, dass alles das hilft. Wer mal ein Interview geben möchte auf diesem Kanal, ist auch recht herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden bei YouTube at extremistlos.de. Der Verein dahinter, extremistlos. Könnt ihr sehen, was wir an die Gewaltarbeit machen und so weiter im Internet. Bis hier hat wahrscheinlich sowieso keiner wieder zugehört. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Zuschauen und verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste. Moin Leute, da melde ich mich mit dem elften Teil Multikriminell. Einige Sachen haben wir nicht so gut geklappt, aber es ist das Dranbleiben. Es ist auch ein gewisser Druck, Geld zu verdienen. Das darf man auch immer nicht vergessen. Der Lebensstil wird teurer, wenn man mal gewisse Geschäfte gemacht hat und man schnelles Geld verdient, fliegt das Geld natürlich auch schnell weg. Ich strecke jetzt sozusagen meine Fühle aus in alle Richtungen, um Geld zu verdienen. Jetzt hatte besonders der Danilo die Idee, Autounfälle zu fingieren und wir hatten dann jetzt diese Idee, beziehungsweise er ist mit der Idee an mich herangetreten und hat gesagt, naja, wenn ein Anhänger abgekoppelt ist und man schiebt den in ein Auto, dann greift nicht die Versicherung vom Auto, sondern dann die vom Anhänger und da steigt man nicht. Und wir waren jetzt ja an dieser Halle von einem Geschäftspartner, der auch so in unserem Umfeld so mitspielen wollte, auch immer gesagt hat, was er so früher mal war und so. Viel, viel Märchengeschichten war das natürlich immer, aber wir haben das so bei uns ergehen lassen, weil wir da auch immer einen Vorteil von gesehen haben, was man da rausschlagen könnte. Es ist dann auch so, dass wir ja dann den ersten Versuch, wo wir den Anhänger dann gegen meinen Wagen geschoben haben, ist so überhaupt nichts passiert. Also war so eine ganz kleine, ganz kleine Delle, aber das müsste natürlich so über Kotflügel, beide Türen müsste das langgezogen werden. Ja, dann geht es, dann geht es halt um richtig Geld, aber nicht hier, wenn es, wenn es hier so eine ganz kleine Beule, da kommt wahrscheinlich noch der Beulendoktor und zieht die raus und dann war es das und dann kriegt man von der Versicherung irgendwie 150 Euro. Das ist natürlich völlige Scheiße. Jetzt haben wir den Wagen runtergerollt und auf einmal mitten wo wir am Schieben sind, ey, was macht ihr da? Wir den Anhänger angehalten und dann scheiße erst mal, wir haben erst mal überlegt, okay, was ist jetzt hier los? Und dann kommen so und wir halten den Wagen so an und dann kommen so zwei, kommen zwei Typen, die so die Auffahrt hoch von dieser Halle und dann sehe ich schon und sehe, ähm, und sehe die Kripo. Oh, ich so schöne Scheiße, nichts anmerken lassen, Philipp, denk dran, das, was du noch nicht gesagt hast, kann dir nicht zur Last gelegt werden, ja, und die dann so, ja, was ist denn euer Auftrag hier, ne? Und wir so, ja, wir wollten hier den Anhänger ankoppen, ja, das sah für uns aber anders aus. Na, und da wusste ich schon, okay, äh, scheiße, aber grundsätzlich, wenn ich beschließe, was will ich jetzt, äh, in den Keller zu gehen, eine Axt zu holen und die mir in die Motorhaube zu schlagen, in mein Auto, ist das theoretisch meine Entscheidung. Aber, der Polizei war schon hier relativ klar, das stinkt hier aber sehr doll nach einem, ähm, nach einem Versicherungsbetrug. Aber, es ist grundsätzlich noch nichts passiert. Ich glaube, die Polizei hat sich da auch so ein bisschen irgendwie in den Arsch gebissen, die hätten natürlich viel mehr warten müssen, hätten ein bisschen Fotos machen sollen, wie wir das Ding dann gegen das Auto schieben oder ein Video drehen sollen und dann warten sollen, bis ich dann mich bei der Versicherung melde, was natürlich eine Kleinigkeit für die ist, das alles rauszukriegen und dann mich wegen des Versicherungsbetrug anzuzeigen. Wir haben das dann runtergespielt, peinlich berührt, alle, ja, also man muss sich das so vorstellen, dann alle, die dabei sind, stellen sich so gegen so ein Auto und, ja, also Hans, guck in die Luft, ich habe hier gar nichts gemacht und, ja, damit war die Aktion gestorben. Ich wusste genau, wenn ich das jetzt durchziehe, das wird, das wird nachkontrolliert werden, haben mit den Beamten kurz Smalltalk gemacht und haben dann irgendwann gesagt, ciao Kakao und dann geht man so hin und scheiße, wir sind in die Halle rein und haben dann auch einen Kaffee getrunken und so und dann alle so, ja, das kannst du jetzt nicht durchziehen, die haben das alles drauf und es gibt eine Anzeige nachher wegen Versicherungsbetrug. Scheiß, jetzt habe ich auch in meinem neuen Wagen trotzdem diese kleine Schramme und kriege jetzt gar nichts, jetzt habe ich mein eigenes Auto kaputt gemacht, habe den scheiß Anhänger dagegen geschoben und jetzt kann ich nicht mal zur Versicherung gehen und mir diesen Schaden erstatten lassen und mit dem großen Betrug, den wir vorhatten. Na, ich war bedient und das kann ich euch sagen, ich war richtig pappensatt und war auch eine gute Lachnummer nachher für einige, ja, also damit konnte ich dann auch ganz, ganz gut leben, das muss man sich auch um einen kriminellen Strukturen mal vorstellen, also das ist ja nicht alles spaßbefreit, sondern wenn man da auch mal einen Fehler macht, ja, der wird dann auch ausgekostet und ausgebadet, also wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht sorgen, das ist einfach auch da so und da wurde sich relativ lange Zeit drüber lustig gemacht, immer wenn ich das Auto irgendwo abgestellt habe und dann ein schönes Auto und was ist das hier für, was ist das hier für einen Beschleunigungsstreifen hier an der Seite, ja, ja, schöne Scheiße, da war ich richtig bedient, Danilo mir dann auch angeboten, ja, kann ich trotzdem wegmachen, den Flat mache ich dir weg für 300 Euro, ich so, geile Aktion, Alter, richtig gute Idee, na gut, dass die Kripo da war, haben wir uns auch keine Gedanken gemacht überhaupt, was die da war oder vielleicht haben wir es doch gemacht, ja, also was für ein Zufall, dass die da gerade im Gewerbegebiet steht und uns da irgendwie so beobachtet, aber gut, für uns gehört das auch so zum Spielen mit dazu, es war jetzt nicht eine Überraschung, immer wenn die Kripo mal an uns dranklebte oder uns mal verfolgte oder uns sprechen wollte und so weiter, das gehörte mit dazu, wir haben halt auf den unterschiedlichsten multikriminellen Schauplätzen mitgewirkt, viel läuft jetzt parallel, deswegen müsst ihr mir das so ein bisschen nachsehen, dass hier sich die Dinge vermischen, aber ich versuche das so ein bisschen aufzubauen, dass ihr der Story so folgen könnt, ich kenne die Story und ich weiß, was parallel gelaufen ist, aber wenn ich das parallel erzählen würde, wäre das sehr, sehr kompliziert. Es ist dann trotzdem nochmal, um das ein bisschen abzukürzen, es ist trotzdem nochmal dazu gekommen, dass ich diesen Versicherungsbetrug damals gemacht hatte und zwar hatte der Danilo nachher jemand gesucht, der im öffentlichen Dienst arbeitete und auch bei sozusagen bei einer Behörde, die Blaulicht oben drauf hat und der brauchte auch ein bisschen Cashgeld, der war gerade in einer teuren Scheidung drin und der hatte dann dem Danilo angeboten, einen vollbeladenen Anhänger mit Bauschutt gegen mein Auto zu schieben und das haben wir dann irgendwann drei, vier Monate später nochmal durchgezogen, da waren wir uns relativ sicher, der war nicht auffällig, der war nicht vorbestraft, gar nichts und gehörte dann zu so einer Blaulicht-Truppe und das war überhaupt kein Problem und das ist dann auch dieser Schaden dann auch bezahlt worden, der hat dann, ich meine, ich weiß nicht mehr, was der Cash bekommen hat von mir, 500, ich habe den Unfall nachher repariert bekommen für 500, 600 Euro und dann bleibt bei sowas auch mal 2.000, 3.000 Euro übrig, ich weiß, das ist so, das bezahlen alle mit durch die erhöhten Beiträge, aber bei Versicherungen haben wir ganz, ganz viele, lebt auch später mit dem Danilo, der besonders auch in Hamburg und sonst wo, dass so viele, viele Unfälle immer so mit organisiert hat, auch die Reparatur organisiert hat, also er war da nicht so immer so mittendrin, aber dann die Unfälle dann doch immer sozusagen abgewickelt hat, auch das mit der Versicherung abgewickelt hat, da gab es ganz klassische Unfälle, die in Hamburg dann gemacht worden sind, dass irgendjemand dann ein Auto angemeldet hat, musste dann immer schon ein paar Monate angemeldet sein, also das wurde dann auch wirklich so gemacht, dass irgendwelche Schrottautos, 500 Euro Schrottautos angemeldet worden sind, ob irgendwelche Typen, die nicht auffällig waren, die haben dann die Versicherung bezahlt bekommen und dieses 500 Euro Auto und dann wurden die Unfälle meistens so fingiert bei diesen, wenn man, also Spurwechsel, Abbieger, dass dann, wenn man dann nicht sozusagen den Schulterblick macht und dass man dann die ganze, also wenn man dann rüberzieht und den Schulterblick nicht macht und dann die ganze Seite und da waren natürlich, da waren S-Klassen dabei, da waren große Porsche dabei, die unterschiedlichsten Autos, die da wirklich, wo es dann wirklich um Schäden geht, wo es wurde um 8, 9, 10, 12, 15.000 Euro spricht und dann kriegt der, der Typ mit dem Auto, kriegt dann sein, der kriegt sein Auto und seine Versicherung bezahlt, ja, kriegt dann noch 500 Taschengeld, dann wird das Ding für 2.000 oder 2.500 repariert, also 4.000 Kosten und wenn der Schaden 12.000, 14.000 ist, hast du 8.000 oder 10.000 Euro von oben, ist ein Riesen-Business für ganz viele kriminelle Gangs, wir haben dann auch nachher immer wieder Leute, die jetzt aus unserem Umfeld war, die immer wieder mehr so bei uns rumhingen, war das dann, war das dann wirklich so, dass das immer genutzt wurde, um ein bisschen Geld zu verdienen, um vielleicht Geld nachher auch zu bekommen für gewisse Aktionen, also ob man sich nachher später ein Motorrad kaufen sollte oder dass man Geld brauchte, überhaupt einzusteigen in gewisse Geschäfte, also so ein Grundkapital zu machen, ich erinnere mich noch dran, dass auch in dieser Phase ein Unfall gemacht werden sollte, da sollte auch in einen Q7, sollte hinten reingefahren werden auf einer Landstraße, ja, dass jemand vorne, also auf der Landstraße gab es eine angekündigte Ampel zwischen Wismar und Schwerin und da könnte man gut bremsen und da sollte einer aus unserem Umfeld sollte dann mit dem Wagen hinten drauf fahren mit, was weiß ich, 30, 40 kmh, das muss man erst mal machen, Leute, ich erinnere mich noch, wie wir das gemacht haben, ich weiß, wir gucken so, wir gucken so, wir gucken so Serien mit Stuntmännern oder auch Dokus über Stuntmänner, aber das erst mal selber zu machen, das ist schon eine krasse Nummer, Leute, ich erinnere mich noch, da waren wir dann unterwegs zwischen Wismar und Schwerin und dann, dann wartet man das so ab und dann fahren ja beide Autos so hintereinander und dann, und dann stehen, stehen so, stehen wir so an der Seite und dann sollten die anfahren und dann ist er angefahren und fährt so, fährt so und dann bricht er ab, bremsst, scheiße, ja, alle steigen aus, fahren so an die Seite, warum, ich habe schweißnasse Hände, ich traue mich das nicht reinzufahren, doch, du schaffst das und da alle so, tschakka, doch, du schaffst das und so, ja, los, komm, geht um Geld, alle zählen ja schon wieder das Geld im Kopf, ja, es muss das große Geld, wir wollen jetzt sicher alle, dauert 10.000, 5, 5 schnell, ja, Cash und dann wieder umgedreht, sind sie wieder die Landstraße lang, dann wartet man ja sozusagen auf die Ampelschaltung, der andere bremst ab und er fährt drauf los und denkt, jetzt macht er es und dann tritt er auf die Eisen und bremst wieder ab, wir fahren wieder an die Seite, der war schweißnass, das weiß ich noch, der spielt nachher noch eine, der spielt später noch eine Rolle, also der kommt in der Serie über die Motorradclubs, kommt der da auch öfters zu Wort und im Endeffekt wurde da 3, 4 Mal runtergefahren, aber er ist nie raufgefahren, also wenn man das so auf einmal sieht, das eine Auto stoppt vorne ab und man soll selber damit 30 raufbrettern, das ist wirklich, das kostet Überwindung, ich will jetzt nicht sagen, probiert das aus, weil Leute, das kann auch, eine Querschnittslähmung ist eine Querschnittslähmung, oder ein gebrochener Nackenwirbel ist jetzt nun nicht so, dass man sagt, man hat sich einen Nagel eingerissen, dass wir waren dann auch immer so, wenn der Maik und ich so beiseite standen und der Danilo, wir standen dann so beiseite und wir haben dann immer große Sprüche geklappt, ja, muss man machen, komm, stell dich nicht so an und dann so immer, ja, mach du doch, ja, nee, ist ja nicht mein Auto, du musst das schon selber fahren, nachher, wenn was ist oder so weiter, ja, aber da waren wir mit dem Maul ganz weit vorne, ja, das kennen viele von euch bestimmt auch, die so in diesen Milieus unterwegs waren, könnt ihr auch mal drüber sprechen, ja, ist immer ganz leicht so zu sagen, ja, muss man machen, das ist überhaupt kein Problem, habe ich auch so gemacht und ja, allen immer alles zulabern, aber Hauptsache wegschieben und die anderen sollen mal erledigen, wir haben dann wirklich die unterschiedlichsten, die unterschiedlichsten Geschäfte auch gemacht, auch sehr viel Kleinkram multikriminell, ich habe diese Serie ja mit Absicht so genannt, damit ihr einen Einblick dafür kriegt, was man dann so alles gemacht hat und man lernt immer mehr Leute kennen, wir haben dann auch ganz viele Leute kennengelernt, die dann die unterschiedlichsten kriminellen Dinge gemacht haben, also auch so ältere Landwirte, die Betrügereien machen wollten, auch gestandene Persönlichkeiten, die es eigentlich aus dem Bereich der Wirtschaft aus unserer Sicht nicht nötig hätten, ich habe nachher noch mal auch Politikern auch noch mal Geld geliehen, ist auch vielleicht eine spannende Sache, das zu erzählen, kommen wir dann aber noch zu. Jetzt war es dann halt so, dann lernt man halt immer mehr Leute kennen und dann sitzt man so beieinander, man frühstückt, das war ja so mal so ein Ritual, wir haben uns morgens getroffen, haben dann zusammen gefrühstückt und dann sind die Leute immer rein. Mich hat gerade jemand bei YouTube angesprochen, oh, ich erinnere mich, Philipp, dass ich euch morgens immer in Wismar gesehen habe, da waren wir immer in so einer Bäckerei-Konditorei und da haben wir uns morgens immer mit 5, 6, 7 Leuten getroffen und haben da immer alle Dinge besprochen. Auch die Polizei hatte das später dann dieses Kaffee und diese Konditor dann im Blick. Konditor ergibt sich selber, ja. Okay, naja. Und da sind dann immer wieder Leute gekommen und was vorgeschlagen. Also nur mal so als Beispiel, dann ist jemand gekommen und hat gesagt, ja, die haben, da gab es einen Einbruch damals in ein Museum in Wismar und da wurde ein relativ bekanntes Bild entwendet, ja. Aber ein Bild zu verticken ist jetzt nicht ganz so einfach. Der hat dann gesagt, ja, wir haben damals Sachen aus diesem Museum geklaut, das, was wir veräußern konnten, was jetzt nicht unbedingt so nachvollziehbar war, das haben wir auch vertickt bekommen. Aber natürlich ein sehr spezielles Bild von Wismar irgendwie gemäht von irgendeinem, von irgendeinem, der mit irgendeiner Ölfarbe irgendwas auf Leinwand gemalt hat. Das hat natürlich einen hohen Wiener Erkennungswert, ja. Das kann man sich jetzt nicht einfach mal an sein Wohnzimmer hängen. Irgendjemand kann auch mal kommen und sagen, Mensch, irgendwie habe ich das Bild schon mal woanders auch gesehen. Ja, also das ist dann sehr speziell. Und das ist nicht so wie ein Film, dass irgendwie so mega Reiche dann auch so Keller haben, ja, so, wo sie dann irgendwie so eine Mumie, eine geklaute Mumie liegen haben und so weiter. Gibt es bestimmt irgendwo auf der Welt, aber jetzt nicht unbedingt in Wismar. Aber dann sind wir auf die Idee gekommen, der hat gesagt, ja, ich habe dieses Bild noch liegen, das kostet irgendwie, das wurde man dann geschätzt da im Museum um 8.000 oder 10.000 Euro. Ist für ein Bild auch schon ein ganz stabiler Preis, ja. Und dann haben wir versucht, dieses Bild anderen anzubieten. Ja, man geht so umher, Leuten, die Geld haben, zu denen wir dann da bereits Kontakten hatten und haben dann gesagt, ja, hier willst du das kaufen, was sehe ich für 3.000? Und alle so winken ab, nee, was soll ich damit, weißt du? Und dann jetzt so ein, ja, unser Umfeld war jetzt nicht so, die sich dann so ein gemaltes Feld mit einer Kirche drauf irgendwie hinstellen. Das war jetzt nicht so unser Umfeld. Und dann sind wir irgendwie so auf die Idee gekommen, ja, okay, vielleicht wäre es möglich, das sozusagen dem Museum wieder anzubieten, zu kaufen. Da sind wir dann erst mal auf die, haben uns erst mal überlegt, okay, wie kann man das überhaupt machen? Und dann sind wir auf die glorreiche Idee gekommen, okay, wir gehen zu unserem Haus- und Hofanwalt und sagen, dass uns dieses Bild angeboten wurde, ja, und dass wir das dem Museum wieder zufügen könnten, wenn das Museum sozusagen einen Finderlohn von 3.000 oder 4.000 Euro zahlen würde, ja. Also, das ist aber so, schon wo wir bei dem Anwalt reingekommen sind, ja, wir erzählen ihm die Story und dann sagt er so, bitte nicht, bitte nicht, ja, also wenn es euch wichtig ist, dann von mir aus, schickt das Bild anonym da wieder hin oder so, aber ich möchte jetzt nicht aufs Museum zugehen und irgendwie sagen, irgendwie so ein Vermittler, ja, weil Leute, die werden eh, die werden eh darauf kommen, dass der, der das entwendet hat, dass der das nicht losgeworden ist und dass der das jetzt versucht, wieder ans Museum zu verkaufen. Und in all solche Dinge haben wir Energie reingestellt und ich kann auch sagen, es ist nicht dazu gekommen, dass wir dieses Bild verkauft haben, wir haben es auch nicht als Museum zurückverkauft, wir haben dann einfach wieder gesagt, hier, behalte deinen Scheiß, ja, aber so haben wir so wirklich überall, überall mitgemischt, ja, wir haben auch, wir haben auch mit jemandem zu tun gehabt, so, der hatte so NS-Memorabler gesammelt, also Sachen aus dem, aus dem Dritten Reich, war jetzt nicht der, der mir auch immer die Waffen verkauft hat, aber der hatte so, der hatte so Schreibmaschinen gesammelt, von der Waffen-SS hatte der die gesammelt und da war das Spezielle, dass da das S, dass da sozusagen der, das S als Blitz drauf ist und das ist, das ist sehr gesucht und, also was heißt sehr gesucht, in Sammlerkreisen, ja, dass wir auch dann versucht haben, der hat uns die angeboten, da haben wir eine gekauft, haben, hat er uns zu sich nach Hause eingeladen und haben wir sein Haus ausgespäht, ob man da denn einbrechen könnte, und wie wir da einbrechen könnten und wie viele Sachen wir da rausholen könnten und die dann nachher in die USA verkaufen, weil der Markt für diese Sachen in den USA so groß ist. Wir haben dann diese eine Schreibmaschine von ihm abgekauft, weiß ich nicht, glaube ich, für 900 Euro oder so und die haben wir nachher in die USA verkauft für 800 Euro. Bombengeschäft, ja, wer ein bisschen Mathematik drauf hat, der weiß hier so richtig Bescheid. Ich weiß, jetzt könnten die Leute sagen, so mittlerweile, ja, Multikriminalität läuft nicht so gut, Philipp, deine Geschäfte sind alles Minusgeschäfte. Darf man nicht so sehen. Ich erzähle euch die Geschichten natürlich auch, die gescheitert sind, wir kommen aber auch zu den erfolgreichen nachher. Ihr dürft nicht vergessen mit dem einen Haus, das ich mir unter den Nagel gerissen habe, über den Tom, ja, mal schlappe schnell 40.000 bis 45.000 plus gemacht, ja, dann verträgt man das auch mal, dass man da 100 minus macht oder wie in Italien plus minus 0, Gott sei Dank haben wir die Franken dann da gegriffen. aber es war jetzt wirklich so, dass wir alles versucht haben, Hauptsache Geld, 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 Gier, Frist, Hirn, alles versuchen, scheiß drauf, was soll es denn, ist doch auch scheißegal. Und dann muss man das auch mal, und über den moralischen Aspekt müssen wir jetzt hier auch mal ein bisschen zu sprechen kommen. Das musst du dir vorstellen, dass ja, was ich dann da lernen musste, ist so auch, was ich dann besonders von dem Mike so angenommen hatte, worauf ich auch nicht stolz bin, was ich auch nachher wieder ablegen musste, ist so, dass du wirklich jeden irgendwie als Goldesel angesehen hast. Du hast die Leute nur noch kategorisiert in hat nix, oder da können wir ein Geschäft mit machen. Und das ist eine üble Sache, wenn man Menschen so einschätzt. Und auch, genau so haben uns dann ja Leute nach Hause eingeladen, ja, so wie der, der uns diese Schreibmaschine verkauft hat und hat uns echt nett so zu Hause aufgenommen und wir sitzen da und reiben uns die Hände und denken uns, wie wir den ausrauben können. Ja, also, da gibt es, da gibt es wirklich, wirklich ganz, 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 ganz viele Ideen, die da waren, zu den Ideen kommen wir dann auch mal noch bei Multikriminell, auch mit dem LKW und so weiter. Aber das, das kommt noch, kommt, chillt Leute. Und, das heißt, die holen dich so im guten Glauben in dein Haus und du guckst wirklich, wie du die ausrauben kannst und scheißt wirklich auf die. Das verändert dein Denken und das macht dich wirklich zu diesem, zu diesem Schwein, das ich damals auch war. Und das wieder abzulegen, ist dann auch ein längerer Prozess, du hast ihn gar nicht erst so machen. Wenn ihr, guckt da, guckt da bitte nicht so rauf. Das ist wirklich eine ganz, ganz üble Sache, die ich dann da, dort auch gemacht habe. Das sind alles so Dinge, auf die wir uns dann so konzentriert haben, mit denen wir uns beschäftigt haben. Und nebenbei ist aber immer wieder, der Danilo rückte immer mehr in mein Leben. Wir waren uns echt sympathisch. Das ist auch jemand, den man mögen kann. Jetzt der, der Mike war jetzt nicht so beliebt. Der hat sich immer wie die Achse im Wald so verhalten. Den mochten die meisten Leute irgendwie nicht, weil er auch wirklich alles immer auf die Business-Ebene gehoben hat. Er war nicht sehr gesellig mit anderen und war schon manchmal so in seinem Ablauf dann so, dass die Leute gesagt haben, ja, muss nicht sein. Er wurde selten direkt so gesagt, aber war dann nicht so. Danilo war natürlich auch so als Typ speziell, aber der konnte Menschen lesen. Also der konnte Menschen das sagen, was die gerade hören wollten. So, ja, der hatte ganz, der hatte das Talent, so Leute auch zu belabern. Der konnte wirklich Eskimos nochmal eine Tüte Eiswürfel verkaufen und hat das dann immer wieder, hat sich immer wieder wiederholt. Noch einmal für dich, noch einmal für mich. Ja, ich erkläre das nochmal. So und so läuft das Geschäft und so. Ja, und die Leute waren dann schon nachher so genervt. Ja, machen wir, ja, machen wir, ja, machen wir. Jetzt laber bloß, nur nicht weiter. Und der rückte immer mehr so, dass wir was zusammen gemacht haben. Der war ja auch aktiv so als Türsteher unterwegs, hat Türsteher vermittelt. Da haben wir nachher auch ein paar Jungs vermittelt und haben dann ja auch noch eine Türsteher-Firma gegründet. Aber hier kommt ganz, ganz viel. Ich weiß, ich kündige hier ganz viel an, aber wir müssen jetzt hier ein bisschen Struktur und in diesem Teil geht es darum, dass ihr das versteht, dass viele kleine Geschäfte, hier entwickle ich mich jetzt wirklich weg von dem Extremisten. Extremismus spielt überhaupt keine Rolle mehr, sondern hier geht es jetzt wirklich einfach nur noch Geld, 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 Macht, Wachstum, Leute kennenlernen und egal was, wie, wo machen. Und jetzt ist der Danilo auf mich zugekommen und hat gesagt so, Mann, wie schaut es denn aus, ob wir ein bisschen was zusammen machen wollen? Der hat in Schwerin, hat der ein paar Jungs, die so Musikgeschäfte machen, die eine Diskothek betreiben und Goa-Festivals machen, wo wir dann auch auf der Tür standen und hat gesagt, ja, die machen eine Menge Geld, die machen eine Menge Geld, aber es sind alles so Hallodries, ja, also Hallodries, also die, wenn die 100.000 einnehmen, dann hauen die auch 100.000 raus und vergessen, dass Steuern fällig sind oder dass dann noch Rechnungen um die Ecke kommen und so weiter. Ja, die machen dann nach dem, und um das nächste Festival immer wieder zu organisieren, wenn DJs Vorkasse wollen, ja, also oder Hotels gebucht werden müssen oder Stand, ist ja scheißegal, es entstehen immer Kosten vorher vor so einem, und die haben sie ganz, die haben sie ganz oft nicht, ja, also die leben teilweise echt mit der, äh, von der Hand in den Mund und, äh, da hat der Danilo gesagt, das ist ein, das ist ein, das ist ein geiles Geschäft, aber das Problem ist in diesem Geldverleihgeschäft, was ein sehr, sehr dreckiges Geschäft auch ist, ist, du musst die Mischung finden zwischen, du bist der Typ, der hilft, ja, er war ja auch mit denen allen befreundet, aber du musst die auch so krass, so derbe, so mit Zinsen abziehen, dass es ein geiles Geschäft ist und du musst ja immer darauf erpicht sein, ein Folgegeschäft zu haben, du musst die in so eine Abhängigkeit bringen und denen, denen das vermitteln, dass du ja als Freund geholfen hast, hey, und für das Negative und für die vielen Zinsen kann ich nichts, da sind andere Schuld, ich hab dir das gesagt, ich hab's dir fünfmal erklärt, daher kam das auch mit dem Danilo, dass er das immer wieder wiederholt hat und sagt, wenn du dir jetzt 20.000 leist, denk dran und du zahlst dich nicht in den nächsten drei Monaten A-Raten, was weiß ich, 8, 8, 4.000 zurück, ja, plus die Zinsen, was weiß ich, 4.000 in den drei Monaten, dann kommen jeden Monat 1.500 Euro Zinsen drauf, nochmal zu deinem Verständnis, der hätte das dann fünfmal erklärt, wenn ich manchmal mit dabei sage, so beim Italiener, dachte ich so, boah, bitte, bitte, es reicht, es reicht, dann hab ich gesagt, ich sag Danilo, okay, der hat's verstanden, dann hab ich gesagt, der andere hat's verstanden, ja, okay, sind sich alle einig, ja, ja. Und das heißt, der Danilo wollte sich das nicht, wollte sich das nicht versauen, dieser Gönner zu sein. Und dann war die erste Aktion, die wir da gemacht haben, war das, hat mir das mitgenommen, hat gesagt, okay, Philipp, pass auf, komm mal bitte mit, willst du in ein Geldleihgeschäft einsteigen? Du hast zwei Möglichkeiten, hat er mir gesagt, du hast die Möglichkeit, entweder du steigst ein als, also wir geben das Geld zusammen, ja, die wollten, nach meiner Meinung ging's um 20.000 Euro, entweder steigst ein, wir leiden beide 10, oder du steigst ein als der, als der Böse, leist nichts und kriegst dann nachher eine Bezahlung von den Zinsen mit und kriegst dafür 1.000, 1.500 Euro. Und der Danilo hatte mir gegenüber, war der sehr zuverlässige, die Geldgeschäfte haben da immer geklappt, das muss man auch immer sagen, und hab dann gesagt, ja, nee, ich würde schon auch Geld investieren, ich würde schon auch als Leihpartner mit reingehen, und dann teilen wir uns die Zinsen. Und er sagte, ja, okay, wollten wir machen, es ging auch, glaube ich, darum, auch er hat irgendwie Freundschaft gesucht, ja, war jetzt nun auch nicht jemand, der so dicke Freundschaften gepflegt oder dicke Freundschaften hatte, der hat auch Freundschaft gesucht und ich war auch ganz dankbar, dass ich ein bisschen Freundschaft außerhalb so dieses extremistischen Gewaltmilieus hatte und da war das so eine andere Ebene mal. Und deswegen hat das so auch menschlich gepasst und der mir dann erzählt hat, okay, wie werden wir jetzt dieses Geschäft aufbauen? Dieses Geschäft, das wir gemacht haben, ist mit jemand aus Schwerin gemacht worden, der ist leider verstorben, ich hab mich schon mal in einem Video auch dafür entschuldigt, der hat sich auch bei mir gemeldet, wo ich angefangen hab mit diesen Videos vor drei, vier Jahren, der ist an Krebs gestorben und hat sich bei mir gemeldet und hat mir gratuliert dazu, zu meinem Wandel, wo er schon auch sehr, sehr krank war und hat das sehr begrüßt, was ich heute mache, die Aufklärung, das hat mir sehr viel bedeutet, weil wir den auch immer regelmäßig sehr abgezogen haben, dem Freundschaft vorgegauelt und wir haben den sehr abgezogen. Um den geht es hier, der wurde damals Pizza genannt und hatte dann dementsprechende Goa-Festivals organisiert und auch beteiligt an einer Diskothek, wo wir nachher auch was zusammen gemacht haben. Den ersten Deal, den wir da so gemacht haben, ich weiß so, da waren wir verabredet, da wohnte der in Schwerin, da bin ich dann mit dem Danilo hingefahren und saßen dann so bei ihm und dann kam Danilo dann immer und da hat er dann so moralisch angefangen und hat gesagt so, ja Mensch, Pizza, wieso hast du, du hast so viel Geld verdient, wieso hast du das Geld nicht beiseite gelegt? Und er so, ja, ich war ja auch dann unterwegs und ich habe mir das Auto gekauft und Wohnwagen und ich habe ja dann auch den, so einen Paintboy-Park habe ich aufgebaut. Also der hat das Geld dann auch immer, das flog ihm dann auch immer so aus der Hand, ja. Das ist, glaube ich, auch das Problem, wenn man viel Bargeld einnimmt und dann sagte er so, ja, ich brauche jetzt einfach, ich brauche jetzt einfach nochmal Geld. Und dann saßen wir da so und er hatte mich so vorgestellt und saß ich da halt auch so als grimmiger Typ und moin und ja, und da hat er gesagt, ja, hat er gesagt, Pizza, ich kann das alleine zurzeit nicht machen. Ich habe meine Gelder auch wo gebunden, ich würde Philipp so als Partner mit rein. Und dann stellt man sich so vor, ja, ich bin der Partner von Danilo und so weiter, ja, wo alles klar. Sitze da bei ihm in der Wohnung und sage, geht um 20.000 und dann haben wir uns natürlich abgesprochen und dann sagt Danilo so vorher, nee, Pizza, den Pizza, den kannst du vertrauen, dann machst du überhaupt keine Sorgen und so. Und dann habe ich so natürlich gespielt und ich habe gesagt, ja, pass auf, weißt du, Pizza geht nichts persönlich um dich, bist ein netter Kerl, das passt hier so, schönen Dank, dass ich bei dir sein darf, aber weißt du, ich schneide mir mein Geld auch nicht aus den Rippen und wir brauchen hier schon ein bisschen Sicherheit, weißt du, also irgendwie musst du uns irgendwas anbieten, was wir haben. Und er so, ja, weiß ich auch nicht und so. Und Danilo hat mich natürlich vorher drin gesagt, er hat gesagt, ja, frag ihn nach seinem Autobrief von dem Audi und der hat noch einen Brief für so ein Wohnmobil und wir müssten auch über den Paintballpark sprechen, wenn er was nicht zurückzahlen kann, dass wir dann da mit Prozenten reinkommen. Und ich so, ja, pass auf, es ist eine Menge Geld, ich kenne dich nicht, ich weiß hier, Danilo legt die Hand für dich ins Feuer, aber, weißt du, hier, guck mal meine Hände an, die sind schon ein bisschen verbrannt und deswegen brauche ich hier ein paar Sicherheiten. Und er so, ja, weiß ich auch nicht, ich sage so, was für ein Auto fährst du denn? Also ich wusste schon alles über ihn, ich fühle ihn dann nur so dahin, ja, und dann sage ich so, ist das bezahlt oder ist das nicht bezahlt und so weiter und er so, ja, ist bezahlt. Ich so, ja, wäre doch schon mal ein Start, weißt du, solange du das Geld von uns hast, die 20.000, kannst du schon mal den Brief geben und wenn da was nicht klappt, dann, ja, haben wir schon mal das Auto, weißt du, man spricht da auch nicht über Gewalt nachher und dass wir den Hardcore abziehen wollen, aber das wird schon alles so aufgebaut, dass wir den Hardcore abziehen und das Gespräch da echt so dahin geleitet und gesagt, ja, okay, ja, und ich, das mit dem Geld, wie schnell kann ich das Geld denn kriegen? Ja, nee, die, die 20 können wir, können wir dir nachher geben, ja, also wir müssen jetzt hier einig werden und dann muss man das auch sagen, was wir dann da als, als Zinsen veranschlagt haben, also es ging um den Betrag von 20, ich meine, es ging um 20 oder 24.000 Euro und wir haben, wir haben ihm monatlich, solange das Geld geliehen ist und das ist unabhängig, wie viel er davon zurückgezahlt hat, also auch wenn, nehmen wir jetzt die 20.000, haben wir ihm monatlich, haben wir monatlich 1.500 Euro Zinsen drauf gebatscht. Da würde jeder Normale sagen, mache ich nicht, aber wenn du keine Wahl hast und bei denen im Kopf war das auch drin, das muss ich leider auch sagen, scheiß drauf, ich mache die Veranstaltung in 3 Monaten, da verkaufe ich, da verkaufe ich 3.000 Karten a 100 Euro, das sind 300.000 Euro, alle Kosten ab, habe ich ein 100er wieder übrig und dann zahle ich euch die 30.000 zurück, ist mir auch scheißegal, eure 9.000 Zinsen oder so. Ja, also natürlich auch so die Diskussion, oh, ist schon viel Geld, oh, weiß ich nicht, hm, weiß ich nicht, vielleicht muss ich mal woanders fragen und so weiter und dann hat Danilo gesagt, wie woanders fragen? Dann springt der Ton ganz schön um und wie das mit Pizza ausgegangen ist, wie wir wirklich den leider abgezogen haben, das berichte ich euch im nächsten Teil. Leute, vielen lieben Dank, dass ihr dabei seid hier. Schaut mal rein bei Patreon, Kanalmitgliedschaft, da kriegt ihr die Bilder von den Leuten dahinter, da seht ihr immer, was so los war. Damit unterstützt ihr auch aktiv unsere Arbeit. Geht mal bei Extremistlos rein, da könnt ihr auch Vorträge buchen, ein Webinar und so machen, Hass macht Gewalt, das Buch ist draußen, King oder den Kongs im Shop. Ihr könnt das aber auch alles nur kostenlos konsumieren, Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert gerne, sagt, welche Erfahrungen ihr habt und ich verbleibe jetzt auf jeden Fall mit einem Ahoi von der Küste. Moin Leute, da melde ich mich mit dem zwölften Teil Multikriminell. Wir sitzen bei einem jungen Mann, der Pizza genannt wird, der Goa Festivals organisiert, der aber nicht so gut mit Geld umgehen kann, Geld rein, Geld raus und öfters mal mehr raus als rein und der hatte so ein bisschen das Pech, dass er halt gewisse Leute um sich hatte, besonders so aus dieser Security-Firma, die er immer engagiert hatte und wo er die einmal hatte, dann wird man die auch nicht mehr los. Das darf man auch nicht vergessen, wenn man erstmal so eine Security drin hat, die dann loszuwerden, die dann auch in kriminellen Strukturen drin ist, ist sehr, sehr schwer loszuwerden. Ja, und ich habe das immer wieder beobachtet, dass sie sich dann auch in kriminelle Geschäfte reindrängen wollen. Auch das weiß ich hier. Es sind ganz, ganz viele auf dem Kanal, die auch aus diesem Milieu irgendwie kommen oder dort Erfahrung haben. Könnt ihr auch gerne immer wieder in die Kommentare posten. Ich lese mir das immer alles durch und bin da immer sehr gespannt auf eure Rückmeldungen. Aber schnelles Geld kommt. Schnelles Geld kommt. Damit meine ich schnelles Geld. Da steckt natürlich viele Organisationen hinter, aber viele Tickets werden natürlich per Vorkasse gekauft. Ja, das geht dann aufs Bankkonto. Das machen dann diese üblichen Verdächtigen, die diese Karten verkaufen im Internet und so weiter. Und damit finanziert man so auch den Ablauf. Aber wenn man dann so an der Abendkasse nochmal 1000, 2000 Tagestickets, Wochenendtickets verkauft, das ist natürlich ein schönes Geschäft. Ja, ich sage mal so, wenn man dann 500 Karten mal nicht abrechnet, ist das auch mal ein Fuffi Cash. Also 50k Cash. Da redet man über richtig Geld nachher. Ja, und das ist dann für die auch das Geschäft und das ist das Geld, was auch so wegfliegt. Das Geld, was sie oft so auf die Konten kriegen, das ist das, womit sie es organisieren. Und das Abendgeschäft ist dann das, was denen auch so richtig Spaß macht. Aber, wie gesagt, die Erfahrung immer wieder in meinem Leben, schnelles Geld fliegt schnell weg. Das ist so. Und je schneller man Geld verdient, umso größer wächst auch dieser Ballon, den man sich aufbaut mit Kosten und wie man leben, essen geht, Urlaub macht, Autos kauft, Sachen kauft und so weiter. Und das wächst oft proportional mit. Und wenn da mal was nicht klappt, dann hat man diesen Kostenballon. Und das ist auch, wo dran auch viele Kriminelle oder auch so Selbstständige auch dran K.O. gehen. Wir saßen jetzt auf jeden Fall und dann hatte der Pizza so überlegt, bei Danilo so, ja, 1500 Zinsen und ich brauche das, ich brauche das ja auch nur drei Monate, bis das und das da ist. Und na klar ging es um uns, ging es um uns Geld, Leihgeschäft. Wenn wir uns das jetzt vorstellen, wir kriegen für drei Monate 4.500 Euro Zinsen, Cash. Jeder hat 2.250 Euro nebenbei verdient, ohne großes Risiko. Wir haben das abgesichert über zwei Kfz-Briefe oder Danilo hat sowieso immer die Hand in seiner Kasse, ja, also der dann ja auch als Security in seiner Diskothek war, das Zenit in Schwerin damals. Also das Risiko war sehr gering, aber ich brauchte halt dieses Geld und ich muss auch dazu sagen, ich habe nicht so aus der Vollen geschöpft und habe einfach so eine Art Tresor aufgemacht und habe so Bündel rausgenommen und 10.000 da hinleihen, 20.000 da hinleihen und wenn man was nicht glaubt, ist das kein Problem. Also ich musste mir das Geld auch schon so ein bisschen einteilen, aber ich habe das dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt, habe ich das gesehen, okay, dieses Geld muss neues Geld verdienen und stand für mich nicht zur Debatte, irgendwie 1% oder 2% auf dem Tagesgeldkonto, was man damals auch bekommen hat, irgendwie zu kassieren, sondern natürlich dieses Geld muss arbeiten und das muss schwer arbeiten, damit sich das möglichst verdoppelt oder verdreifacht. Also immer wieder einen Umlauf bringen. Da war es natürlich, kam mir das sehr gelegen, der Danilo hat sowieso die ganzen Abläufe gemacht, ich musste mich da um fast gar nichts kümmern. Er wollte das auch immer gerne, er hat das sehr genossen, den ganzen Tag zu telefonieren, jeden eine Bulette ans Ohr zu labern, sich mit jedem zu treffen, was für mich ja der absolute Horror ist, mich mit Leuten zu treffen und irgendwie Smalltalk zu machen oder zu telefonieren, ist für mich ein absoluter Horror und deswegen war ich da sowieso nicht so der Typ für. Jetzt sitzen wir bei ihm und er rechnet sich das durch und sagt, das ist schon viel und so weiter, aber hey, wir sind keine Bank, mit der man mal diskutiert, gehen Sie mal mit Ihrem Effektivzinssatz von 1,5 auf 1,3 runter oder so, wir sitzen da als Kriminelle, wir sitzen da als Gangster und sagen, so und so sind die Zinsen, wer will dir sonst Geld geben? Wir dürfen nicht vergessen, viele dieser Selbstständigen sind auch nicht so, dass die Bilanzen eingereicht haben, dass sie ihre Steuererklärung erst reingemacht haben und dann zur Bank gehen konnten und sagen, ich brauche mal einen Kontokurrentkredit für, was weiß ich, 30.000 oder ich brauche einen Barkredit, das haben die alle nicht gemacht und deswegen hingen die alle in diesen Milieustrukturen drin und wenn sie sich erstmal diese Abhängigkeit begeben haben, dann wurden sie nach und nach nackig gemacht, deswegen sage ich immer wieder, also wer sich natürlich mit Hunden schlafen lässt, braucht sich nicht wundern, wenn er irgendwann mal Flöhe hat. Das ist ein eisernes Prinzip, wenn ihr das Gefühl habt, dass Leute in dem Milieu anhängen und die wollen mit euch Geschäfte machen, wenn ihr erstmal Ja sagt, ist das Rauskommen ganz, ganz schwierig. Ein Geschäft ergibt das nächste und es ergibt sich nachher auch eine große Abhängigkeit und man kommt da ganz schwer wieder raus. Das geht dann oft gegen Leib und Leben und mit viel Bedrohung, viel Heckmack, viel Stress und mit ganz, ganz viel Sorgen und höchstwahrscheinlich mit dem Verlust auch des Geschäftes. Wir sitzen da also und er schlägt ein, es wurde ihm dann auch ganz klar erklärt, okay, auch wenn du nur einen Teil zurückzahlst, die 1500 ist egal, wenn du nachher noch 5000 offen hast, die 1500 Zinsen laufen weiter, bis du auf Null bist. Ist scheißegal, die Summe und das Ziel war jetzt, was Danilo mir dann erzählt hat, das Ziel war gar nicht, er soll es nach Möglichkeit gar nicht schaffen, das zurückzuzahlen. Der Deal wurde schon so gemacht, den, was Danilo dann natürlich auch wusste, dass neue Kosten entstehen, was auf ihn zukommt, auch hat der für die immer die Einkäufe gemacht, wusste ganz genau also über deren finanzielle Möglichkeiten Bescheid, bei den Goas, bei der Diskothek und so weiter, sondern das Ziel war es eigentlich, dass er uns gegenüber der Verpflichtung nicht nachkommen kann, dass er ab und zu mal die Zinsen abstottert, da gibt es mal 3000, da gibt es mal 1500 und so weiter und er verlängert von Monat zu Monat, bis wir nachher einen anderen Deal suchen und wir uns in das Geschäft reindrängen von der Diskothek. Also das war schon ein länger geplanter Plan. Kann man so sagen, ist auf jeden Fall so, dass das, was ich da lernen musste und das, was ich da menschlich auch versaut habe, ist, dass du wirklich der Pizza, der mir gegenüber saß, der war mir sympathisch, das war ein Typ, den die meisten irgendwie mochten, der war einfach gutherzig, liebenswert und wollte eigentlich nur geile Partys irgendwie schmeißen, ein bisschen Rock'n'Roll machen und davon irgendwie leben und wir haben den einfach angesehen, einfach als dicke Melkuh, scheißegal, wenn der es nicht packt, wenn der unsere Kosten nicht hat, Hauptsache wir schmücken den ab und nehmen ihm seine Geschäfte ab. Aber es wurde dann immer wieder im Gespräch dann so vermittelt, ja, besonders auch Danilo konnte das dann immer wieder, das zu vermitteln, ja, nee, du weißt ja, wir sind auch Freunde, aber das müssen wir jetzt hier trennen, das ist ein bisschen geschäftlich und Freundschaft und so weiter und du weißt, ich mag dich, aber das muss klappen oder ich konnte das Geseier nachher nicht mehr hören. Wenn ich das heute höre, dann wird mir auch mal ganz schlecht, wenn ich so andere Dokus gucke oder Fernsehen und so weiter und ich kenne dieses Geseier und dann weiß ich, wohin das führt und es ist einfach nur ein hinterhältiger Rotz. Und ich habe an vorderster Front mitgemacht. Dann schlägt man dann so ein und dann wird dieses Geld ausgezahlt, bringt das hin, die 20.000 in Bar. Ich spiele so den Bad Boy, was dann so abgesprochen worden ist. Es gibt dieses Good Cop, Bad Cop, aber den gibt es hauptsächlich dann auch bei Gangster. Ja, so, dann sagt Danilo so, ja, dann kriege ich das mit und ich sage so, pass auf, ich gebe dir jetzt hier das Geld. Ich sage, pass auf, wir beide kennen uns nicht so. Ich sage, das ist auch Geld und betrübe mich hier nicht, halte ich an die Vereinbarung, ansonsten zeige ich dir auch eine andere Seite von mir. Ja, nee, alles klar, habe ich verstanden und könnt ihr euch darauf verlassen. Danke, danke für eure Hilfe. Bedankt sich, kniet noch fast runter und bedankt sich irgendwie dafür. Wir fahren weg und reiben uns richtig die Hände und sagen so, ja, den haben wir es aber, den haben wir es aber richtig gezeigt und wir warten eigentlich darauf, dass es nicht klappt. Der hatte dann auch wirklich noch ein paar Dinge selber versaut. Also, der hatte das Geld, der wollte vor dem Goa, wollte der nach Goa in Indien fliegen, wollte da dann irgendwie drei Wochen Urlaub verbringen, auch von dem Geld, ja, muss man auch mal sagen. Dann hat der den Flug verpasst, hatte sich einen Flug gebucht für 3.000 Euro, ja, irgendwie, was sehe ich, erste Klasse oder Business Class, irgendwas, hatte sich im Tag geirrt, hat den Flug verpasst. Also, ersten 3.000 weg, musste dann nochmal einen Flug nachkaufen, um dann dorthin zu fliegen zu können. Irgendwie ein, zwei Tage später nochmal, wie gesagt, 3.000, 4.000 nochmal nachgezahlt und da wussten wir schon, okay, das wird irgendwie eine enge Kiste, die er da macht, ja. Es sind dann auch Dinge, Dinge aufgebaut worden bei ihm, die werden immer wieder größer, ja, dass man dann anbietet, okay, pass auf, der kam aus dem Urlaub wieder und sagte so, wir hatten dann ja vereinbart, okay, es müsste dann jetzt irgendwann die Zinsen geben, die Veranstaltung sollte dann sein und, na klar, findet die Veranstaltung dann statt und dann ist auch, dann ist das Finanzamt um die Ecke gekommen, es sind ganz unterschiedliche Dinge, die dann zusammenkommen, wo er dann Finanzamt bezahlen musste und dann ist von dieser Goa der Betrag nicht übrig geblieben und dann ist das so, dass dann der Danilo dann losfährt, dann sind so die ersten Monate rum, dann ist nach drei Monaten das erste Mal zinsfällig, ja, aber dann wäre halt schon 4.500 Euro fällig und dann fährt er hin, ja, kann ich noch bezahlen, Finanzamt sitzt mir auch im Nacken und die Goa soll doch weitergehen, der Laden soll weitergehen und das wollten auch alle, keiner wollte, dass das stirbt, weil alle daran verdient haben, alle wollten irgendwie das künstlich am Leben halten oder wollten das am Leben halten, damit es weitergeht und er hatte auch ein starkes Wachstum, was das anging, also mussten wir so einen Mittelweg finden, ja, wir wollen jetzt unser Geld, aber es darf nicht so viel sein, dass er sagt, ja gut, dann kann ich nicht mehr, dann ist halt alles Platz, Scheiß drauf und dann fährt der Danilo so hin und dann macht der Angstarbeit wieder, ja, der fährt dann hin und sagt so, so, eigentlich hatten wir ja abgemacht, ach, du hattest das groß versprochen, ja, ich wusste auch nicht, das Finanzamt ist zwischen, ja, pass auf, so, an mir liegt das nicht, ja, also ich spreche jetzt so als Danilo, ja, an mir liegt das nicht, weißt du, ich helfe dir auch weiter und die Zinsen können ja weiterlaufen, weißt du, zählst du dann einfach in sechs Monaten, dann werden halt aus den, also dann sind das insgesamt neun oder zwölf Monate, dann werden halt aus den 20.000 werden dann 18.000, dann werden es 38.000, ist überhaupt kein Problem, nächstes Jahr läuft es auch wieder gut, aber ich muss dir sagen, boah, mit Philipp habe ich gesprochen, also der hat da keinen Bock drauf zu warten, weißt du, der sagt auch, du bist ihm scheißegal und, weißt du, ich kann da nur auch nicht mit ihm sprechen und er sagt dann, ja, aber Danilo, sprich du doch mit ihm und sagen, weiß ich nicht, was kann ich denn machen, ich kann es ihm jetzt auch nicht auf den Rippen steilen, es tut mir auch leid und dann gibt es halt in einem Jahr oder was und dann sind die so, ah, nee, weiß ich nicht, der ist da schon, der hat da so keinen Bock drauf, klare Absprachen, der will davon auch nicht abweichen, das wusste ich alles nicht, weißt du, also, ja, dass der so über mich spricht, dass der eben so halb bedroht und so und meinen Namen und so, das war schon so leicht abgesprochen, war nicht halt so intensiv, das haben wir danach dann mal ausgewertet und, ähm, und dann, ja, weiß ich auch nicht, wir müssen da irgendwie, aber guck mal, die Summe erhöht sich, weißt du, wie wollen wir das machen und richtig unter Druck gesetzt und sagt dann auch immer, ja, pass auf, ich fahr jetzt nochmal los, ich spreche nochmal mit ihm, aber ich glaube, der will jetzt irgendwie seine, seine 12,5 oder 15 zurück und, ja, wenn du ihn bezahlst, musst du mich auch bezahlen, also die 30 musst du jetzt irgendwie auftreiben und mal 30.000 wieder aufzutreiben, bei jemandem Neues zu leihen, wäre dann auch nicht so drin, ja, es ist ja nicht so, dass das so, das ist jetzt nicht so ein Gebilde, er hätte das familiär vielleicht leihen können, wenn die es ja nicht geschafft, aber zu anderen Kriminellen zu gehen und unsere Geschäfte kaputt zu machen, das funktioniert auch nicht, also Kriminelle, die sich einigermaßen kennen, das ist ein relativ kleines Milieu da in der Gegend dann gewesen, da gibt es nicht andere Kriminelle, die denen dann helfen, um das dann irgendwie so ihnen da aus der Scheiße zu holen, weil wir natürlich auch kommuniziert haben, dass wir hier eine Falle aufbauen, ja, um ihn natürlich, um uns in seine Diskothek da mit reinzudrängen und so weiter und ja, dann war es halt so, fährt man wieder einen Tag oder zwei Tage später hin und sagt so, do, pass auf, tut mir leid, ich habe echt alles versucht, ich habe mit Philipp gesprochen, der hat mich nicht mal getroffen, weißt du, ich habe mit Philipp gesprochen und sagt, do, ich habe keinen Bock drauf, weißt du, das musst du regeln, ich bin dann da raus, aber denk dran, du hast da vor der und der Zeit, hast du die Hand drauf gegeben, du hast gesagt, du bezahlst, ja, ich wusste aber nicht, wie das alles läuft und so, was können wir denn da machen, was mit dem Audi, er sagt, was soll er mit deinem scheiß Audi, weißt du, hat er gesagt, weißt du, was will er, meinst du, der will jetzt unter die Hobby-Auto-Verkäufer gehen und so und ja, und dann wird schon hin und her überlegt und dann, und dann kommt so auch Danilo so mit so einem Vorschlag so um die Ecke und sagt so, ja, weiß ich auch nicht, also, ich meine, ich könnte mir anbieten, weißt du, wie läuft denn der Laden hier mit dem Zenit, wie läuft das denn oder wie schätzt ihr ein, was das wert ist? Ja, nee, weiß ich auch nicht und dies gehört ja zu 50% mir und 50% jemand anderen grüßt sich, der verfolgt ja auch immer die Videos, ja, grüßt sich und ist auf jeden Fall, dass dann so überlegt worden ist, ja, weißt du, vielleicht wäre es auch eine Überlegung, dass du die Teile abgibst, so als Sicherheit, weißt du, und wir machen das per Handschlag hier und dann sind wir halt einfach, dann sind wir halt mit 25, sind wir halt mit 25% von deinen Anteilen sind wir mit drin, ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht, wie das mein Partner findet und so, weil der fand mich und den Danilo richtig scheiße, der Partner, ja, das war ein ganz normaler, der auch mit Geld umgehen konnte, der wollte Musik machen und Partys organisieren und der fand mich scheiße, der wusste schon auf jeden Fall, auf was das hinausläuft, der war jetzt nicht so gut, glaube ich, wie Pizza oder so, ja, weiß ich nicht, muss ich mal mit ihm sprechen, wir denken aber schon, dass das Geschäft irgendwie über 100.000 wert ist und dann 50% sind 60.000 und weiß ich nicht und dann, ja, das ist natürlich, Danilo dann auch so, ja, oh, wie ihr das bewertet, ja, so Höhle der Löwen mäßig, ja, alle bewerten alles immer im Millionenbereich, hat er gesagt, ja, dann müssen wir mal gucken, wie ihr das bewertet, ja, dann müssen wir mal ein bisschen über Umsatz sprechen und wie das da so läuft mit dem Getränkeumsatz, was da so hängen bleibt, was ist im Sommer, wenn wenig los ist, was ist in den Spitzenzeiten, was sehe ich, in der Winterzeit und dann baut man das so ein bisschen auf und dann kam er zu mir und hat gesagt, so, wir haben ihn soweit, ich glaube, wir kommen in die Teile rein. Ich wollte da gar nicht so drauf hin, weil ich habe gedacht, okay, ich mache aus 10.000, 10 geliehenen 1.000, 15.000 innerhalb von 3 Monaten oder 4 Monaten, was ein stabiler Betrag ist, ohne dass ich irgendwie große Handschlage gemacht habe, aber er hat gesagt, ja, aber dann sind wir da in der Diskothek, in dem Betrieb mit drin und kassieren jeden Monat ab und versuchen dann, die anderen auch noch rauszudrängen, ja, bis wir den Laden dann so komplett übernehmen. War ich nicht so mega begeistert von, aber ich hatte großes Vertrauen da drin, dass der Danilo diese Geschäfte machen kann und so ist es dann auch gekommen, dass wir 25% als Sicherheit bekommen haben von ihm per Handschlag und wir haben nachher einen Anteil, der irgendwie auf 30.000 beziffert wurde, haben wir für 20.000 bekommen und er musste trotzdem nachher noch 9.000 oder 10.000 Zinsen zahlen. Das muss man sich mal vorstellen, also so läuft das irgendwie innerhalb von 3, 4, 5 Monaten wurde, aus dem Betrag von 20, hatte der 20.000 zurückgezahlt, als Anteile von der Disco und nochmal 20.000 Schaden gehabt, also den Betrag verdoppelt und das noch in dem guten Glauben, dass Danilo sich für ihn eingesetzt hat und ich der Boom-Mann war, der sonst zu ihm kommt und ihn körperlich bestraft und sich das Geld holt und ihm das Leben zur Hölle macht. So einfach werden Storys aufgebaut, also Leute, Obacht, wenn es hier um solche Milieusachen geht, da kann der eine oder andere was von lernen, immer Finger weg davon, Leute. Vielleicht ist es dann manchmal sinnvoller, auch manchmal ein Geschäft sterben zu lassen, ja. Der Partner wollte das so überhaupt nicht, aber was sollte der machen? Das ist nachher auch dazu gekommen, dass der Partner auch ausgezahlt wurde und rausgekauft wurde, der wollte einfach nur raus, der hat sich dann auch mit etwas anderem entfernt und der war ganz froh, dass er dann nachher raus war und so haben dann Danilo und ich nachher auch einige Anteile an dieser Diskothek gehabt. Ich hielt meinen Anteil immer kleiner und war dann nachher auch froh, wo das mal rausgekauft worden ist, aber dazu kommen wir noch alles ein bisschen, wie das dann in dieser Diskothek auch abgelaufen ist und wie das da alles so passiert ist und was für ein tolles Geschäft, das mal wieder war. Nein, das war schon in Ordnung, aber kommen wir noch im Genauen dazu. Geldleihgeschäft ging dann immer wieder, ich hatte dann auch, das ging dann so rum, dass man da Geld leihen konnte, aber es hat so nach, nach außen wirkte das oft. Wir waren sehr protzig nach außen, großen Autos, wir sind durch die Stadt gelaufen, als wenn wir die Könige, als Könige der Küste wären und da hatte ich ganz, ganz viele Anfragen immer mal wegen Geld leihen und die Leute haben gedacht, wirklich, man druckt das selber im Keller und ist überhaupt kein Problem. Ich hatte dann auch wieder jemanden aus der Politik, der sich Geld von mir geliehen hat, den hatte der Mike dann angeschleppt, der war dann auch immer anfällig, auch für, Mike war noch anfälliger für gute Geschichten, die dann so ankommen und dann hatte bei mir wirklich jemanden, der in der Politik in Wismar saß, kam dann auf mich zu, der hat eine Fahrschule betrieben, der kam dann auf mich zu und ja, der hatte gerade eine größere Insolvenz hinter sich mit seiner Dachticker oder Zimmer, Zimmerei oder so und hatte Angst, sein Privathaus zu verlieren und musste da einen Kredit stützen irgendwie mit 20.000 Euro und dann hat Mike so gesagt, ja, ist ja auch kein Problem und dann kam Mike so zu mir und sagt so, ja, ist immer wichtig, so eine Leute sich warm zu halten und ich so, ja, was habe ich von dem, Alter, was kann der für mich tun, ja, ist immer wichtig, ich weiß ja, wenn wir nachher immer mehr und größeres machen wollen, ist immer wichtig, so einen Gefallen so bei denen zu haben. Ich sage so, was für einen Gefallen, Alter, ich leite ihm noch nicht 20.000 für null, Alter, weißt du, wenn die 20.000 wechseln, ich sage, wer steht denn dafür gerade und sagte Mike so, ja, dann stehe ich dafür mit gerade, ich sage, ja, Mike, das ist gut und schön, Alter, weißt du, aber ich sage mir jetzt mal so, wenn ich sage, pack mal dein ganzes Geld auf den Tisch, dann sind da auch nur 2.000 Euro zusammengekommen oder so, das ist gut und schön und das dann nachher abzustottern irgendwie über Jingling Zigaretten, die verkauft werden im Monat und dann 500 Euro abzustottern, da habe ich auch so keinen Bock drauf. Dann habe ich immer gesagt so, nein, nein, will ich nicht, habe das über Mike ausrichten lassen, dann hat er noch bei mir persönlich unten geklingelt, das hasse ich ja sowieso wie die Pest, Alter, weißt du, anrufen oder klingeln? Na, hat er noch bei mir geklingelt, komm mal runter und dann dachte ich mir so, Mann, Alter, saß ich da, ja, und ich brauche das nur als Überbrückungskredit und dann kriege ich das, hat mir voll die Story so erzählt, da habe ich mich belabern lassen und ich so, ja, ich denke drüber nach, ich winde mich dann ja auch so ein bisschen raus, ich sage, ja, ich denke drüber nach, eigentlich nein, oh, bitte, nein, ich will nicht, ich denke drüber nach, ja, na, scheiß, ist der abgehauen und ich sage, Mann, und dem habe ich natürlich gesagt, ich sage, ja, gut, Alter, wenn ich die 20 live, was kannst du als Sicherheit geben? Ja, ich habe hier, ich habe hier, was sind die zwei Fahrschulautos, ich sage, hast du die Briefe? Nein. Ich sage, ja, das kannst du dir doch nicht als Sicherheit geben. Ich sage, die gehören dir doch gar nicht, die gehören der Bank, Alter, oder dem Autohaus noch, oder dem Autohersteller. Und dann haben wir uns wieder getroffen, haben wir uns bei ihm am Haus getroffen, der hatte so ein niegelnagelneues Haus gebaut, ja, schön protzig, groß, wohnte der da, und dann fährt man da so vor und dann denke ich mir so, und dann steht er da mit seinen Autos, dieses niegelnagelneue Haus, die Frau läuft da drin rum, als wenn sie Prinzessin Lillifee ist oder so, ja, und dann denke ich mir so, ich fahre da hin, ich komme gerade aus meiner Wohnung, da habe ich damals in der Wohnung, und der pumpt mich wegen 20.000 Euro an und die tun hier so, als wenn sie sonst wer sind, ja, das war für mich dann auch immer ätzend, aber da habe ich mir so gedacht, meine Güte, was ist das alles für eine große Show, diese ganzen großen Zampanos aus der Politik und da hintenrum, alles so viel Dreck am Stecken, muss man echt mal sagen, bei der Kommunarpolitik, was ich da erlebt habe, da waren schon lustige Storys dabei, und da habe ich gesagt, ja, ich gebe die 20, ich sage, ich sage hier, Mike hat gesagt, er steht für den Großteil, steht für den Großteil ein, ja, ist auch kein Problem, ich mache das, und das Geld kommt, und ich warte ja nur drauf, wenn ich das hier ablösen kann, es ging da dran, er musste einen kleinen Kredit ablösen, um dann den Kredit umzuschulden, oder er brauchte die 20.000 zum Umschulden, keine Ahnung, ist mir auch irgendwie relativ scheiße geil gewesen, und ich wurde so belabert, laber, 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 Mike, dass jemand ganz wichtiges wäre, stell dir mal vor, der wird mal Bürgermeister und so weiter, und du hast ihm da geholfen, wir, halt, da können wir richtig was machen, vielleicht kriegen wir dann mal Grundstücke zugeschanzt, also, immer so dieses ganz große Millionenbeträge, und ich dachte so, da war ich mittlerweile so, dass ich gedacht habe, boah, ne, da habe ich dem auch den Vorschlag gemacht, und sagte so, ja, ja, 20, weiß ich nicht, ich leite jetzt 20, die 6 Wochen lang, oder wie lange der die braucht, leite die 20, ja, Leute, das ist nun mal so, wie es funktioniert, ne, ich, ja, und da, da fiel die Kinnlader auch runter, und sagst so, ja, 26 für, für das Jahr, oder was, ich sag, nee, für die 6 Wochen, gibt es 6 Mille, ich sag, das Risiko, ich sag, du kannst ja auch zu deiner Bank gehen, mit deiner schön zerschossenen Schufa, oder was weiß ich, oder so, kannst ja hingehen, ja, ich sag, ich sag, wenn du schon zu mir kommen musst, ja, das habe ich dann ja auch immer gesagt, ich sag, wenn du schon zu mir kommen musst, wir kennen uns nicht, und wir sind Gangster hier in der Stadt, ja, wir machen hier auch multikriminell, oder organisierte Kriminalität, und du bist so gut vernetzt, und du bist so beliebt hier in der Stadt, und du hast keinen, der dir aus der Patsche hilft, das sagt irgendwie was über dich aus, ja, also, wenn man dann so in der Politik so vernetzt ist, und dann geht man zum Freund hin, und sagt so, pass auf, kannst du mir mal helfen mit den 20.000, du kriegst die 20.000 dann 6 Wochen zurück, da muss schon viel verbrannte Erde gewesen sein, das ist dann nicht so, dass man dann sagt, äh, da war ich schon noch clever genug, um zu sagen, hier riecht es irgendwie, hier riecht es schon irgendwie scheiße, und ich hab dem, ich hab ihm dann auch gesagt, ich sag, pass auf, ich sag, das muss ich auch sagen, das haben Maike und ich dann auch in voller, in voller Klarheit auch gesagt, und haben gesagt, dann werden wir jetzt die 6 Wochen hier abmachen, wir sind hier, wir sind hier ganz nette Kumpels, und wir stehen hier bei dir vorm Haus, und wir rauchen eine, und es ist alles ganz lustig, und du kriegst das ja alles gewurbt, und du bist danach wieder finanziell toll, und dann werden auch wieder Millionen verdient, und so weiter, wenn das nach den 6 Wochen nicht klappt, dann schlagen wir dir die scheiß Knie kaputt, wir schlagen, wir schlagen dich, wir kommen hier ins Haus, wir machen das scheiß Haus kaputt, wir machen deine Fahrschule kaputt, wenn dieses Geld weg ist, und Maike steht dafür gerade, und ich stehe dafür gerade, das ist hier kein Spaß, du ziehst hier nicht jemanden ab, hier aus deiner Politik, oder aus der Wirtschaft, oder sonst was, sondern hier geht es jetzt wirklich, nur dass das klar ist, hier wird auch nicht verlängert, und dann, oh hier hat was nicht geklappt, mit der Bank, und ich habe vergessen einen Brief zu schreiben, und irgendjemand anderes hat Schuld, ist mir scheißegal, Schuld hast du, Alter, ja hier gibt es keinen, hier gibt es keine Ausrede, das muss man klipp und klar dann auch so formulieren, ist ja dann immer alles kein Problem, ich habe dann immer mit Leuten zu tun gehabt, kein Problem, das kommt, und wir haben danach schon ein großes Geschäft, wenn ich den Kredit umgeschuldet habe, dann kommen die 100.000, dann machen wir das, und dann wird das da investiert, und das Grundstück und so weiter, oh ich konnte das nicht mehr hören, manchmal habe ich so gedacht, so habe ich hier so ein Tinnitus im Ohr, so weißt du immer, diese Millionenbeträge, Hunderttausende, da war ich so langsam dann so ein bisschen, da habe ich mich immunisiert selber, ja in Zeiten von Corona, vielleicht ein wichtiges Wort, da habe ich mich selber immunisiert, und wir haben uns nachher irgendwie drauf geeinigt, meine ich, für die sechs Wochen haben wir uns geeinigt, ich gebe 20, und ich kriege 22,5 zurück, ist für die sechs Wochen, ist ein stabiler Zinssatz, als wenn man sich den hochreden, bei sechs Wochen, weiß ich, das sind schon gute 50%, oder was weiß ich, ich habe das so, ja, über, über, also das ist schon, das ist schon eine sehr stabile Summe, und haben das dann auch so gemacht, und es gab dann auch wirklich den Versuch, innerhalb dieser kürzesten Zeit, das Kredit nochmal zu strecken, aber das Geschäft hat wirklich geklappt, aber ich habe das immer mit Magenschmerzen gemacht, und bin dann nachher auch relativ schnell, von dem Geldverleihgeschäft wieder weg, das hat mir immer Magenschmerzen gemacht, ja, also, weil mal zwischendurch eine 25, oder eine 30 zu verlieren, wäre auch für mich ein riesen Debake gewesen, da hatte ich mir auch keinen Bock drauf, deswegen Geldverleihgeschäft, und deswegen, ich bin heute noch sehr erlägisch dagegen, Geld zu verleihen, hasse ich wie die Pest, besonders unter Freunden oder Bekannten, bringt immer Probleme, Borgen bringt Sorgen, also, das ist so, dieses Geldverleihgeschäft, aber wer kommt mal wieder ins Spiel, mit dem Danilo mache ich ganz, ganz viele Sachen nebenbei, wer kommt mal wieder ins Spiel, der Tom kommt um die Ecke, und auch der Mike hat nach wie vor Druck, Geld zu verdienen, und es soll jetzt, das Zigarettengeschäft soll abheben, er hat sich viel darum gekümmert, L&M Zigaretten oder so heißen die, ja, die wurden vertickt, und natürlich nach wie vor Jingling, an Leute, die sich das Rauchen dann irgendwie nicht leisten konnten, aber trotzdem rauchen wollten, ganz üble Sache, die man da irgendwie kriegt, was da reingemischt wird, ja, da gab es ja die unterschiedlichsten Proben, geschredderte CDs, oder was weiß ich, was da geraucht worden sind, und so weiter, und der Tom kommt um die Ecke, und sagt, wir sind immer noch natürlich stinksauer, wegen Italien und so weiter, aber dem Tom kommt mal nicht lange böse sein, der konnte Leute halt einwickeln, und man hat sich mir irgendwie abgenommen, dass er es nicht böse meint, und es hat ja auch ein Geschäft mit ihm geklappt, das Haus, das er mir vermittelt hat, das hat ja auch geklappt, und er kam um die Ecke und sagt so, er hatte Besuch von einem Polen, mit dem er im Gefängnis saß, der saß ja auch zweimal wegen Betrug, zehn Jahre insgesamt, und kam dann um die Ecke und sagte, er hatte Besuch von einem Polen, und der hatte doch da ein Angebot, wir könnten nach Stettin mal rüberkommen, und für den wäre das überhaupt kein Problem, uns in Lkw Zigaretten zu schicken, und da bin ich immer so, wie ich schon Lkw höre, da denke ich mir immer, okay, das ist schon eine Ansage, wenn jemand sagt, ich bringe Kleintransporter Zigaretten rüber, würde ich auch schon sagen, auch schon gut, ja, aber es ist gleich der Lkw, und dann wurden die Ohren gleich von Mike wieder so groß, und dann habe ich gesagt, ja, ich war jetzt in dem Zigarettengeschäft nicht beteiligt, aber ich habe mir gedacht, okay, hören wir uns die Connection mal an, mal gucken, was die noch machen können, vielleicht können die noch was mit Waffen machen, mit Drogen machen, oder sonst was, Hauptsache Connection irgendwie nach Polen, und ich fahre da mit, und vielleicht investiere ich doch in die Zigaretten rein, weil man muss das mal sagen, wenn man größere Mengen kauft, und man kauft dann so eine Stange nachher, vielleicht im Einkauf für 11, 12 Euro, und man verkauft die im Großhandel weiter für 21, 22, und an den Endverbraucher für 28 oder 30, ist das für alle ein riesiges Geschäft, deswegen gibt es auch dieses Geschäft mit Zigaretten, und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, um diesen einflussreichen, sehr, sehr reichen, groß handelnden polnischen Zigarettenhändler kennenzulernen, und was dann in Polen passiert ist, in Stettin, das erzähle ich euch beim nächsten Mal, Leute, ich bedanke mich wie immer dafür, dass ihr dabei seid, ihr könnt die Kanalmitgliedschaft, da kriegt ihr die Hintergrundbilder von den Leuten, die zu sehen sind bei Patreon, ihr dürft einen Daumen oben da lassen, einen Daumen runter machen, ihr dürft kommentieren, ihr dürft gerne ganz leicht beleidigen, ihr dürft aber auch Zuspruch machen, auch das motiviert mich, guckt rein bei Extremist Los, dort gibt es auch Webinare zu buchen, wo ihr mich persönlich im Stream befragen könnt, wo es Coachings gibt und so weiter, das Buch ist erhältlich, Hass macht Gewalt, ihr könnt bei King oder den Kongs reingucken, freue ich mich auch, ihr dürft aber auch alles hier kostenlos konsumieren, da freue ich mich auch, wenn ihr einfach nur dabei seid, und ich verbleibe wie immer, mit einem Ahoi von der Küste. Moin Leute, da melde ich mich mit dem 13. Teil Multikriminell. Ja, wir sind auf dem Weg sozusagen nach Polen. Die andere Zigaretten-Connection von Mike ist sozusagen zusammengebrochen, das muss ich auch ein bisschen später erzählen, ist kein Cliffhanger, aber das hat mit einer anderen Geschichte später noch zu tun. Auf jeden Fall war die Einnahme aus dem Zigaretten-Geschäft war für Mike schon relativ wichtig. Ja, wir haben zwar das Geld immer so aus diesem Rotlicht-Milieubereich bekommen, aber wie gesagt, das reicht halt nicht, um sich Villa Seeblick zu holen mit Pool und sonst was, aber es finanziert ein ganz stabiles Leben, aber es sollte natürlich der Mega-Reichtum her, und deswegen war ja das, was ich hier berichtet, Multikriminalität, die einzige Lösung, die wir damals gesehen haben. Reguläre Arbeit, da haben wir uns total vor gescheut. Jetzt war das so, dass natürlich der Tom immer wieder in unserem Umfeld so umher, umher krauchte, ja, bei mir hat das große Jahr geklappt mit dem Haus, dann war diese Italien-Nummer mit der Mafia, was natürlich vollkommen eine Scheiße war, aber er hatte halt, der konnte ungemein, der konnte ungemein charmant und nett sein, der Tom, ja, der konnte alle einlullen, und der kannte auch ein paar Leute, und wenn er Leute kennenlernen wollte, dann hat er das oft auch geschafft, und der saß ja auch dann in Berlin zweimal im Gefängnis, und kleine Anekdote zwischendurch vielleicht von dem Tom, Tom war jemand, der das geschafft hatte im Gefängnis, und zwar war der im Gefängnis, ich hatte das ja gesagt, Betrüger bleiben oft Betrüger, das ist leider so, das ist so eine Erfahrung, ich will niemanden dem Wandel absprechen, aber eine kleine Anekdote Tom zwischendurch, die fällt mir jetzt gerade ein, deswegen schieben wir die jetzt mal rein, kein D-Abo bitte, und Tom war inhaftiert in Berlin, da gibt es auch noch ein altes Video von irgendwie vom ARD-ZDF, oder irgendwie NDR oder so, wo er im Gefängnis in so einer Talkrunde sitzt, so ja, wirklich relativ schmierig, soll nicht mal, es soll kein Hate sein, aber so die Beine so überschlagen, so ich weiß, ihr seht das nicht, aber so, ja, so wie ich halt nicht sitzen würde, ja, ich bin der breitbeinige Sitzer, aber wie er dann da labert in so einer Runde mit so einer Sozialpädagogin, und wie sie dann so ein Training machen, wurde das gefilmt, versuche ich vielleicht mal rauszukriegen, ob ich das noch finde, er war ja inhaftiert wegen Autoschieberei, und durch und durch Betrüger, das habt ihr ja wahrscheinlich schon mitbekommen in dieser multikriminellen Serie, und der, der hatte, wo er im Gefängnis war, hatte er zu dem damaligen Zeitpunkt noch eine relativ teure Uhr, ich weiß nicht, ob es eine Rohling, Rohling, Rolex, ich fange jetzt nicht neu an, eine Rolex, äh, kommentiert gerne Rohling wieder, ja, Rolex, ähm, eine Breitling, irgendwie sowas, ein paar tausend Euro, jetzt nicht so übermäßig, 20, 30.000 Euro, die darfst du dann im Knast auch nicht haben, die kommt dann im Tresor, oder man muss sie rausgeben lassen, zur, zur Familie, oder zur Frau, oder zum Partner, scheißegal, auf jeden Fall hatte er diese Uhr, und die hat er am Handgelenk behalten, und wenn jetzt jemand sagt, das geht nicht, doch, das geht, ich habe auch drauf bestanden, in der JVA Bützo, dass ich meine damalige Breitling auch an der Hand behalte, die habe ich mir geben lassen, habe sie dann erst später rausgegeben, weil ich sie dann doch immer mal wieder abnehmen musste, und, äh, welche Überraschungen im Gefängnis sitzen, halt auch Diebe. Und, der Tom hatte auch diese Uhr, das ist dann ja auch, das ist dann ja auch vermerkt, ja, also was der Gefangene, was der Gefangene für ein Eigentum, sozusagen, auf seiner Zelle hat, also er ist ernaftiert worden, und dann hat er die, äh, die Uhr um, dann wird das eingetragen, die und die Uhr, der und der Marke, und dann hatte der, dann hatte der diese Uhr, sozusagen, in seinem Bestand, in der Zelle, und, dann hatte der Tom eine, eine, äh, Zellendurchsuchung, dann wird man aus, bei dieser Zellendurchsuchung, wird man aus der Zelle gebracht, ja, da wird man in eine andere Zelle geschlossen, oder man steht bei der Zelle so um die Ecke, und, ähm, und die Beamten durchsuchen diese Zelle dann nach verbotenen Gegenständen, was weiß ich, Waffen, Drogen, einfach irgendwas Illegales, Handys natürlich ganz weit vorne, äh, und, äh, ja, um die zu beschlagnahmen, gibt es auch eine Strafe, gibt es einen Dizzy, ja, gibt es einen gelben Zettel, ne, was, äh, hinderlich ist, wenn man nachher Erlöckerung will, einen offenen Vollzug möchte, oder vorzeitig entlassen werde, wenn man die Dinger dauerhaft sammelt, dann muss man wahrscheinlich TE sitzen, das heißt, Terminende muss man dann sitzen, also die sind sehr hinderlich. Und, dann hat ein Beamter, hat dann seine Zelle durchsucht, und das ist eigentlich nicht zulässig damals gewesen, sondern, da gilt das Vier-Augen-Prinzip, dass die Beamten das gemeinsam finden, und auch gemeinsam so eine Zelle durchsuchen, und dann auch protokollieren, was sie gefunden haben. Und dann, nach dieser Zellendurchsuchung, hat der Tom behauptet, dass seine teure Uhr weg ist, und dass der Beamte die geklaut hat. Wie der Tom die Uhr dann rausgeschmuggelt hat, und dass die weggekommen ist, und so weiter, will ich euch nur sagen, und damit ihr einen Eindruck davon bekommt, über was für einen Betrüger wir sprechen, ist er damit durchgekommen, und hat das Land Berlin damals verklagt, ihm seine Uhr zu ersetzen, weil er behauptet hat, der Beamte, der nicht zulässigerweise, seine Zelle alleine durchsucht hat. Mit der Klage ist er durchgekommen, das Land Berlin musste ihm, musste ihm seine Uhr, die wurde dann auf einen gewissen Wert festgesetzt, und musste das Land Berlin ihm, die Uhr mit 3.500 Euro irgendwie ersetzen, gab ein riesen Tofuabu, ja, wie immer, mein Lieblingswort, da muss ich mir vielleicht mal, muss ich mir mit dem Duden mal ordentlich durchlesen, wie das geschrieben wird, wie das ausgesprochen wird, und das ist, das ist damals sehr rumgegangen, und da hat er sich immer drüber eingefeixt, natürlich wird dann die ganze Piste durchsucht, ja, da werden, da werden die Kühlschränke abgerückt von den Pisten, die Duschen kontrolliert und so weiter, weil sie natürlich davon ausgegangen sind, dass Tom die irgendwo versteckt hat, aber der kam sofort in die Zelle und hat gesagt, wo ist meine Uhr? Ja, und dann, ja, welche Uhr? Ja, meine Uhr, und dann haben sie ihn natürlich durchsucht, er hat sie nicht am Mann, sie war nicht in der Zelle, und dann kann er behaupten, okay, dann konnte man nur Schlussfolger haben, dass der Beamte die geklaut hat und so weiter, ein riesen Drama, und es ist wirklich darauf hinausgelaufen, dass das Land Berlin ihm diese Uhr ersetzt hat, kann man sich nicht vorstellen, ist aber so gelaufen, da gab es dann bestimmt auch Änderungen, läuft heute vielleicht ein bisschen anders, die Geschichte ist true, soweit sie Tom mir erzählt hat, ist ein Betrüger, wer weiß, aber da war er schon immer sehr stolz drauf, auf diese Geschichte, sagt aber auch viel über ihn aus, dann. Ja, Tom, Mike und ich wollen also nach, wollen nach Stettin. Das ist nämlich so, dass in Berlin sitzen auch sehr häufig, sitzen auch sehr viele Polen. Das ist einfach, es gibt dann sozusagen die sogenannte Grenzkriminalität, damals Polen, ja, ich weiß nicht, wie alle dann damals gesagt haben, oh, wenn die Grenze aufgemacht wird zu Polen, und dann wird ganz Deutschland beklaut und so weiter. Es gab dann natürlich auch Fälle, wo es Kriminalität von Polen gab und die sind dann oft in, in den Berliner Gefängnissen gelandet, wurden von daraus auch verteilt und wurden dann auch sozusagen mit Gefängnistransporten zurückgeführt Richtung Polen. Und da hatte er unglaublich genetzwerkt, hat natürlich sehr, sehr viele Leute kennengelernt, hat dann auch teilweise Polnisch gelernt, ein bisschen besser als dann Italienisch, ja, scusi, scusi, ne, ihr erinnert euch, und hatte dann sozusagen connected. Und dann hat er ja Maik gesagt, seine Zigarettenkonecke ist weg und musste Geld verdienen, dann hat der Tom gesagt, ja, Mensch, ich kann mal meine ehemaligen polnischen Mitgefangenen anrufen, mal gucken, ob da einer was kann. Und dann kam er irgendwann um die Ecke, kam zu mir, und er hat gesagt, ja, ich habe hier mit dem, was weiß ich, wie nennt man Polen, Olek, kann man das, ist das ohne, dass das irgendwie Vorurteils ist, ja, Olek. Und dann hat er gesagt, ja, er hat mit dem Olek telefoniert und Zigaretten überhaupt kein Problem, LM blau, LM rot. Aber wir müssten vorbeikommen, müssten wir besprechen, was wir uns vorstellen, und dann Maik natürlich gleich, gleich zu Tom gesagt, ja, ein Lkw voll am besten. Ja, Menge ist überhaupt kein Problem, schiebe ich weiter und wird hier vertrieben, dann machen wir ganz Wismar mit Zigaretten und das ist alles überhaupt, überhaupt kein Problem. Ja, Lkw. Ich habe mich aus dem Geschäft rausgehalten, ich habe gesagt, ja, ich komme mit, aber in das Zigarettengeschäft habe ich mich nicht, habe ich mich nicht eingemischt, wollte ich auch irgendwie nicht. Ich habe zwar schon drauf geluschert, so irgendwie, okay, kann man hier vielleicht schnell mal 2, 3, 5.000 abgreifen, aber ich hatte irgendwie keinen Bock, so bei so einem Lkw sich zu beteiligen und irgendwie dann so 20, 30.000 Euro dazuzugeben. Boah, das Ding muss über die Grenze fahren, keiner will das nachher ersetzen, Geld weg und bis ich das wieder drin habe, weiß ich nicht. Ich wollte ein bisschen partizipieren davon, hätte gesagt, ja, ich nehme hier mal, weiß ich nicht, ich glaube in der Kiste, was war denn in der Kiste? 50 Stangen oder so? Kann das sein, 50 Stangen? Und hätte gesagt, ja, ich nehme dann halt einfach mal, so was du sehe, 50 Stangen, hätten mich jetzt im Einkauf irgendwie 750 Euro, glaube ich, gekostet, ja, 15 Euro, wenn Mike mir die durchgereicht hätte, das hätte er auch immer gemacht, da war er schon, da war er schon relativ fair, dass er an mir nicht verdient hat, da war er anders als Danilo zum Beispiel. Oder hätte ich gesagt, ja gut, ich nehme jetzt mal, ich nehme jetzt irgendwie 10, was sehe ich, 500 Stangen oder 400 Stangen und die hätte ich auch dann im Werwolf Club noch weggedrückt und hier bei den neuen Leuten, das wäre kein Drama und Verdienst nebenbei halt mal schnell eine 4, 5 Mille oder so. Risiko überschaubar, aber bei dem LKW mit einsteigen und mit Polen und über die Grenze und so weiter, da hatte ich keinen Bock drauf. Lass, lass die mal machen. Aber natürlich hatte ich Bock drauf, komm, wollen wir nach Polen fahren? Ja, ja, wieder so ein Roadtrip mit Tom und Mike, ja, und dann sind wir losgefahren, ich weiß gar nicht, mit welchen Autos wir gefahren sind, entweder mit meinem Tour-Rack oder mittlerweile fuhr der Mike auch ein Q7 geleast, über jemand anderes Namen und dann sind wir losgefahren, Richtung Stettin. Hatten uns dann ein Hotel rausgesucht, da hatten wir schon immer viel Wert drauf gelegt, dass wir gut nächtigen, ja, also unter 4 Sterne kamen uns gar nichts, am besten immer 5, da haben wir ihn dann schon immer geknallt, ja, so mit der Außenwirkung, muss man sich aber trotzdem immer mal vorstellen, so, ja, also man kommt hier mit diesen, diesen Pro-Gang, Bodybuilder-Hosen, zwei Bauchtaschen um, irgendwie Turnschuhe, Tennissocken, kahlgeschoren und so, aufgepumpt, dann der gelackte Tom daneben, mit Hemd und Anzughose und Slipper irgendwie an, ja, wir waren schon eine recht lustige, auffällige Gang, wenn wir an so eine Stelle gekommen sind. Eingecheckt in Stettin und dann haben wir natürlich auf seinen Kontakt gewartet, waren im Hotel und hat Tom gesagt, ja, der wird uns nachher abholen und dann gehen wir erstmal was essen. Ja, wir, schön Wochenende da geplant und hatten alles schön uns hingechillt und haben gesagt, okay, ähm, wählen wir uns mal anhören und Mike, Mike hat ja schon wieder das Geld von dem LKW, der da kommt oder sagen wir mal jetzt so ein großer Transporter, keine Ahnung, oder so siebeneinhalb Tonnen oder was weiß ich ja, die musst du erstmal über die Grenze kriegen, aber sowas habe ich dann nachher schon gar nicht angesprochen, weil ich, ich habe dann, da, da habe ich Mike dann schon immer so gesagt, ich sage, denk dran, wenn du denen 50.000 Euro gibst, dann brauchen die keine Zigaretten mehr liefern, dann sind die 50.000 weg, dann haben die ihr Geld verdient und brauchen die gar keine Zigaretten geben, weißt du? Ja, zahlen wir nur an oder wir bezahlen nur bei Lieferungen, wenn das klappt, also da war, da habe ich schon immer so ein bisschen versucht, auf ihn einzuwirken und zu sagen, okay, lasst uns hier mal gucken, was dann passiert. Okay, wir im Hotel gewartet, uns vorbereitet, Tom natürlich wieder gesagt, ja, der Oleg im Knast und der hat richtig groß und der hat richtig große Dinger gemacht, wurde dann durch Pech erwischt irgendwie, das weiß ich alles nicht, wie drumherum und so weiter, ja, hatten ja alle nur Pech, sonst sind sie alles Mastergehirne und ja, also, wie viel Geld der auch erfolgreich hat und so weiter. Dann sind wir so am Hotel und dann gehen wir runter und wollten dann den Arm verbringen, wie gesagt, essen gehen und über das Geschäft ein bisschen labern und dann stehen wir, das weiß ich noch, also Tom so ein Loblied auf diesen Oleg gesungen und dann stehen wir so im Hotel, warten dann so und dann fährt er vor und dann sagen die sich auf Polnisch und umarmen sich und wir dann so, ja, hier Mike, ja, hier Philipp und dann sagt er, ja, ihr könnt bei mir so mitfahren, war so ein bisschen gebrochen, Deutsch, Polnisch, dann Tom, Tom mit seinem Polnisch, Italienisch, Deutsch dazwischen, also schon ein recht lustiger Wirrwarr. Rein ins Auto auf jeden Fall. Ich weiß noch, Oleg sitzt natürlich mit Tom vorne, weil die sich lange nicht gesehen haben, belabert, ja, knast, weiß noch damals, haha, wie lustig, ich hasse ja so alte Geschichten und dann so zusammensitzt, oh, weißt du, die guten alten Zeiten, oh, halt's Maul. Und, ähm, ich erinnere mich noch, das weiß ich noch wie, das weiß ich noch, als wenn es gestern gewesen ist, ich steige in diesen, da kommt er mit diesem Audi an, ich steige hinten in den Audi an, ich gucke Mike so an, ich gucke rüber und mache so zur Seite, ja, und mache so zur Seite und was hat der erfolgreiche Zigarettenschieber, der hat ein Fenster zum Kurbeln, Alter. Ich sitze hinten in der Karre und dann zeige ich, sag ich hier, und dann sage ich, top, weißt du, so, dass die das da vorne nicht mitkriegen, ich so, top, Alter, Fenster zum Kurbeln. Und dann sage ich so, Mike, nochmal, gucke so zu ihm rüber und sage so, hier, zeig so unten auf den, zeig unten auf den Sitz, geile Stoffhocker, Alter. So ein Audi A6 holt er uns mit ab, irgendwie auch so mit so einem Armani T-Shirt an, ja, Anzughose, weißes Armani T-Shirt, Anzughose und dann steigen wir das Auto, Stoffhocker, Fenster zum Kurbeln und das ist der erfolgsreichste Zigarettenschieber aus Polen. Ist so kein Vorurteil, aber es ist irgendwie lustig und steigst du da ein und dann, und dann im Auto machen die Laberabarber, ich konnte schon nicht mehr, ich habe schon gleich gesagt, ich sage, dem würde ich keine, dem würde ich keine, dem würde ich keine 2000 Euro Vorschuss geben, ne, für mich war das schon gleich, gleich raus. Hat er gesagt, ja, dann gehen wir jetzt schön essen und dann, ja, dann fährt der mit uns los und dann fahren wir zu so einem, ich sage jetzt mal, ein Stettin in so einem, zweitklassiges, äh, zweitklassiges Einkaufszentrum, dann denke ich mir so, wo fahren wir denn jetzt hin? Ich meine, wir hatten uns alle frisch gemacht im Hotel, Bodybuilderhose gewechselt, ja, frisches Kampf-T-Shirt angezogen und, und Trainingsjacke an, äh, pro, pro-hate und dann waren wir in dieses Einkaufszentrum und man muss sich das vorstellen und dann sagt er, ja, lass doch hier essen gehen und dann gehen wir da oben so irgendwie zu so einem, zu so einem Asiaten, der so, so wie so einen kleinen Stand hat und so weiter und ich sage, ich dachte, wir wollten jetzt hier Restaurant gehen und hier ein bisschen geschäftlich, ich habe mir das ja ein bisschen mafiöser vorgestellt, ja, ein bisschen, ein bisschen cooler, ein bisschen mehr drumherum, Mensch, wir sind gerade hier irgendwie auch 300 Kilometer gefahren und wir wollen richtig Geld umsetzen oder, ja, wir wollen ein großes Geschäft machen und dann sitzen wir da, steigen aus dem Stoffhocker-Mobil aus, gehen dann da hin und ich schon, ich so, nee, saßen wir da, auf so, ach, saßen wir da in so einer Art Halle und dann haben die gesagt, dann haben die da angefangen zu labern und Mike dann so, ja, wie viel Zigaretten geht, was ist der Preis, was ist, wenn ich, was ist, wenn ich 1.000 Stangen nehme, was ist der Preis bei 10.000 Stangen und der Typ, ja, ist alles, Menge, ist alles kein Problem, aber ich bin da auch nur so der Mittelsmann, da gehen mir auch schon mal die Ohren, so, hier, Mittelsmann, okay, verdient noch jemand was in der Runde, ja, also dann hängt da der Tom drin wahrscheinlich, der mit jeder Stange mit 1 oder 2 Euro beteiligt wird, dann haben wir noch einen Mittelsmann mit 1 oder 2 Euro dazwischen, kostet die Stange schon nicht mehr 13, 14, kostet die schon mal 18. Ja, gut, okay, ähm, wir warten mal, wir warten mal auf die anderen, ähm, auf seine Geschäftspartner, die kommen nachher später. Gut, dann war das irgendwie 20, 21 Uhr und dann sind wir, dann sind wir in, äh, dann sind wir in so einer Art Club gefahren in Stettin, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber ich glaube, ich meine so Chicago und das war so ein Laden, so im 30er Jahre, im 30er Jahre Stil, wo man so Schnaps aus, äh, Kaffeetassen bekommen hat und die Kellner und Kellnerinnen, die hatten alle so 30er Jahre Gehüte auf, überall war alles voll mit El Capone und man hat Schnaps so aus, aus Kaffeetassen getrunken und alles war so wie in der Prohibition, ähm, an der USA aufgemacht, ein geiler Laden, mir war das ja sowieso scheißegal, ich hab gesagt, gut, ich sag, mir ist das eh egal, ich sag hier, der, der Oleg, der kriegt das eh nicht gebacken, also so war mal gleich mein Gefühl, ich hab ein bisschen was dazugelernt, ja, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, äh, Hashtag Lernfähig Philipp und, ähm, hab dann gesagt, gut, dann lass ich halt den, äh, den alten, äh, Rowdy Skinhead raus und besauf mich da, weißt du, was geht mich das was an, da war mir dann auch schon viel zu scheiße. 21 Uhr, 22 Uhr, Mike hat ja sowieso immer so kein Alkohol getrunken, wenn der zwei Alster getrunken hat, dann war auch schon das Höchste der Gefühle und, ähm, ja, 21 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr und ich weiß denn immer, Mike dann immer so zu Tom, wenn ich sag, Mann, wann kommen die denn hier, wann, dieser Lava Hannes Oleg, Alter, wann kommen die hier, die Partner, ja, 23 Uhr, dann ist Mitternacht, ich schon hier halb acht, Schieflage, ne, oder einigermaßen gut, gut unterwegs, Tom hat sich ja immer frisch gehalten, auch mit, äh, mit schnellem Zeug, ja, also Kokain, äh, hab ich damals noch nicht so richtig immer so drauf geachtet, aber natürlich im Nachhinein, wenn man, äh, sich danach mit Kokain selber beschäftigt hat, äh, dann ist danach einiges klar geworden und dann irgendwann war es soweit und dann kam wirklich so, ey, ist Hashtag echt no hate, ne, kam wirklich so, so eine Clique an von, von Polen, die dann so, so klischeehaft mit Autos vorgefahren sind so und alle, alle so einigermaßen angezogen, wie man sich das vorstellt, wirklich so die T-Shirts hauteng und dann die, die Goldkette so drüber und, ähm, die, die, äh, die Fahrradbullen, Sonnenbrille dann vor dem Club dann so auf dem Kopf und das war für mich schon, dass ich da stand und hab so gedacht, wow, okay, ne, äh, damals hab ich ja noch ein, äh, Buchbites Cover, äh, beurteilt, aber da hab ich schon gedacht, so, okay, die sehen alle nicht so aus, als wenn das jetzt hier, das wirkt für mich nicht mafiös genug, das, das, die verticken vielleicht selber so, äh, 100 oder 200 Stangen hier im Monat oder stehen auf dem Polenmarkt und verkaufen, kaufen dann auch von den Asiaten oder so, aber das, das war mir alles nix und dann, ja, na klar war das, Mike natürlich steigt ein, ja, was kosten 1.000 Stangen und dann fangen die auch an, ja, dann kosten die 18 oder so, dann kann ich die ja gleich, kann ich ja gleich in Deutschland kaufen, ja, was kosten 10.000 Stangen, ja, dann 17.50, ja, das ist doch kein Geschäft und Tom, dann steht da schon immer so, ja, aber dann kriegst du die Zigaretten wenigstens und so weiter, ne, weil der sieht natürlich auch sein Geld wegflöten, ja, wenn der 2.000 oder 3.000, 5.000 Stangen besorgt und Tom ist beteiligt mit 2 Euro, kriegt er auch ein 10er Cash, ja, das ist, und du hast kein Risiko, du bist der Mittelsmann, boah, wenn es beschlagnahmt wird, sagst du halt, boah, scheiße, Pech gehabt, ich krieg kein Geld, geht's gut, kriegst du deine 10 Mille, du hast kein Risiko, wenn es beschlagnahmt wird und der Mittelsmann bei der Bullen spielt auch nicht so die größte Rolle, ja, da wird der Lieferant und der Abnehmer, die direkt bei dem Treffen sind, die werden hops genommen und der Mittelsmann bleibt oft raus, also der natürlich dann so, ja, auch und, ja, und dann haben die halt auch so auf die Kacke gehauen, das ist dann auch so ein, so ein, so ein Abtasten und da erinnere ich mich noch an eine lustige Anekdote und dann sagte so einer der Polen so, ja, man muss ja auch aufpassen, mit wem man jetzt hier Geschäfte macht und so weiter und dann geht ja auch um eine Menge Geld, auch wenn, auch wenn das so vorgestreckt wird oder, und, und das hat Mike dann so verstanden, dass er gesagt hat so, ah, okay, ich bin nicht, ich bin nicht credibil für die, ja, bin ich für die nicht glaubwürdig und, äh, dann hat er gesagt so, ja, ich bin ja auch erst vor eineinhalb Jahren aus dem Gefängnis, ich hab ein Zehner Eisen runter, genau wie Tom und dann sagt der Pole so, boah, das ist aber nicht so die beste Werbung, weil, wer sich zweimal hat so groß erwischen lassen, weißt du, ob wir da mit dem Geschäfte machen wollen, ich hab so abgefeiert, weil Mike dachte, er punktet damit voll, dass er zweimal fünf Jahre im Gefängnis gesessen hat und die Polen haben dann gesagt, naja, aber du hast dich auch schon zweimal gut erwischen lassen, äh, mal gucken, weißt du, wie gut du als Gangster bist, da war ich überhaupt nicht drauf vorbereitet, hatte er auch die Botschaft, hätte er ja auch nicht so verstanden, ich hab immer noch geschmunzelt über den Stoffhocker, da komm ich gar nicht drüber hinweg, in dem Auto, ein Fenster zum Kurbeln, ähm, von diesem erfolgreichen Partner von Tom, ja, alles wurde, äh, verschoben, große Pläne, die waren auch schon gut, gut angeheitert, ich sag mal so, die hatten genauso wie ich auch schon ein paar Wodka-Intus, dann wird das immer groß, alles besprochen, alles klappt, ja, wir brauchen dann nur als Investitionsmasse, brauchen wir dann 30.000 Euro, ja, wann kannst du die denn bringen? Und dann Mike so, ja, äh, ich dachte, äh, wie 30.000, ja, du kannst ja die 30.000 oder 45.000 Euro bringen und dann gibt's, was weiß ich, sechs Wochen später gibt's dann die Zigaretten und dann hat man schon gemerkt, das diskutieren und wem gebe ich das, wer steht dafür gerade, welche Sicherheiten gibt's, bringt ihr das doch rüber, dann kriegt ihr einen Euro mehr, ja, nee, wir können auch 3.000 Zigaretten, ich hab schon wieder gedacht, ich bin so, und dann steht man da ja so, ich weiß, in Filmen ist das alles immer so ein Handschlag, ist kein Problem, aus dem Tresor werden 100.000 Euro rausgenommen oder 5 Millionen und alles, klar muss das in Filmen und Serien immer alles groß wirken und die großen Palabra hier bei YouTube und so weiter, ist alles immer kein Problem, aber ich sag mal so, viele von denen haben schon ein Problem, eine einzelne Schachtel im Laden zu kaufen und das sind die Dinge, an denen es dann knallt, weil die Verkäufer und die Käufer, die trauen sich ja auch alle nicht, ja, wenn der eine dem anderen 40.000 gibt und der sagt, oh, Wischiwaschi, ich ziehe jetzt von Stettin nach Wraziwulowska in tiefsten Polen, was willst du da hinfahren? Fährst bei denen ins Dorf ran, willst du dann da 40.000 zurückholen, dann hast du erst mal 3 Schrotgewehre bei dir im Gesicht, ja, also so ist das ja auch nicht, ne, das ist, da muss man sich so ein bisschen lösen, immer was, was Film, Fernsehen und, und so, uns manchmal so vermitteln will, ja, auf jeden Fall großes Palabragespräch, ja, machen wir alles hin, kein Problem, nämlich besorgt die 45.000, ja, haben sie eingeschlagen, Wodka getrunken, wirklich, das war, das war wirklich ganz klischeehaft, ja, Wodka, Wodka, Wodka und, äh, schön lauwarm aus so einem großen Glas, das war, das war genau meins und, äh, Stimmung eigentlich ganz gut, äh, Mike dann immer wieder so zu mir, ja, dann geht er halt zu dem und dem, leiht sich Geld, da ist mich jemand anderes in unser Leben getreten, der bald auch rauskommt, der Geld hatte, der auch Geld, wirklich Geld hat, da kommen wir noch zu, wie der zu Geld gekommen ist, ja, dann leihe ich mir das Geld und machen wir Übergabe, bezahle ich halt einen Euro mehr, scheiß drauf, die 50.000 gebe ich dem 55.000 zurück und mache selber eine 20 damit, alles schon im Kopf verdient, Geld war schon wieder verdient, ja, auf jeden Fall haben wir dann da bis Mitternacht, 1 Uhr sind wir dann noch unterwegs gewesen und, ähm, dann hat der Polo uns auch auf Idee gebracht, Mensch, wollen wir nicht noch, wollen wir nicht noch ein polnisches Modell fahren, der wüsste, der wüsste hier so eine Villa, die betrieben wird und dann sind wir noch losgefahren und sind mit ihm, und, äh, sind mit ihm in, äh, in so eine Art polnische Villa gefahren, die war eine Villa, nicht eine polnische Villa, war eine Villa ganz normal, wo, äh, dort ein Bordell betrieben worden ist und dann sind wir dort rein, muss ich das auch immer vorstellen, wie wir auch aussahen mit denen zusammen, das war so ein, das war, das war so ein lustiger Misch, äh, wie wir aussahen mit den Polen zusammen und wir dazu, das wirkte, also das, boah, kann man, ist fast Realsatire und, ähm, sind wir halt in das Bordell rein, Tom dann ja auch immer, der ja auch dann immer da so rein und so ganz, ja, immer dann Geld, so kein Problem und dann, musste ich Tom, musste ich Tom dann noch, um ein Bordell da ein, auf den Kacken zu hauen, habe ich Tom dann noch 300 oder 400 Euro geliehen, ja, äh, dann sind wir nachher noch mit denen aufs, aufs, aufs Zimmer gegangen, kein großes Drama alles und, äh, ja, die Nacht so verbracht, bis es 3, 4, Mike dann nachher mit dem Auto mit uns zum Hotel gefahren und, äh, so haben wir die Nacht dann verbracht. Das ist so ein Gangster-Treffen, wie es dann so stattfindet, um dann so Zigarettenhandel zu machen. Natürlich, ähm, kann das klappen, nächsten Tag hat man sich dann nochmal getroffen, kam der Oleg nochmal, der dann gesagt hat, ja, seine Geschäftspartner haben sich das alles überlegt am Morgen, ja, also die bräuchten dann schon die 45.000 im Voraus, ähm, und dann würde das alles klappen, ist überhaupt kein Problem und Tom dann natürlich, der dann auch so sagt, nee, das ist für mich alles so safe und so, weißt du, und wenn, wenn, wenn Mike sich dann oder ich dann uns zu Tom dann hindrehen und sagen, ja, stehst du dafür gerade oder was? Womit denn, mit deiner Unterhose oder was? Ja, selbst wenn du sagen würdest, du stehst dafür gerade, womit denn, weißt du, na klar kann jemand dafür gerade stehen und dann kann man den danach auch bestrafen, körperlich und angreifen und so weiter, aber was bringt es dir? Die Leute glauben ja auch immer, dass es, dass, dass selbst wenn man Geld verleiht und der kann die Schulden nicht zurückzahlen und man, man, man bestraft ihn dann körperlich, aber trotzdem hat man sein Geld nicht zurück, man hat trotzdem Stress, vielleicht die Bullen, das bringt gar nichts, also sagen, was, was soll denn jetzt hier klappen? Also, es ist auch dazu dann gekommen, auch, weil Mike dann gedacht hat, er kriegt das große Geld geliehen in Deutschland, aber hat er nicht geliehen bekommen. Das sagt ja auch immer wieder was über die Leute aus, wenn sie kein Geld geliehen bekommen, auch von Freunden, die Geld haben, da sind einige immer ganz fix, ich sag's immer wieder, Geld, äh, Borgen bringt Sorgen, besonders auch im Freundeskreis, nicht machen, Leute. Zurück nach Deutschland, Zigarettenquelle sieht mau aus, ähm, als wir zurück nach, nach Deutschland kamen, stand es für uns dann irgendwie noch zur Debatte, Türsteherei lief so ein bisschen, Maik und ich hatten ja da immer keinen Bock mehr drauf, und, da mussten wir uns um ganz andere Kleinigkeiten kümmern, worauf wir überhaupt nicht vorbereitet waren, dass wir so zurückkamen, wir hatten uns dann die Rotlicht-Apartments gemacht, wir hatten Türsteherei gemacht, wir hatten uns gegen die unterschiedlichsten, äh, Banden durchgesetzt und angelegt und so weiter, aber dann gab es immer wieder so neu profiliert, neue Leute, die sich profilieren wollten, die dann so irgendwie im Fitnessstudio dann mal so pumpen gehen, das ist ja auch so eine Milieusache, dass die Leute denken, dass die, die besonders aufgepumpt sind, besonders die härtesten Typen waren, das kann ich sagen, eine Erfahrung, die hab ich nicht gemacht, sondern der, der bereit ist, am meisten Gewalt auszuhüben und hier den kleinen Finger betätigen, dazu bereit ist und so weiter, ähm, das sind die Gefährlichen, aber nicht der, der sagt auf der Bank, wenn du ihn kennenlernst und sagst, äh, was drückst du denn auf der Bank, ja, weiß ich, äh, vollgestopft, 180 oder so, wow, du bist bestimmt der Krasseste dieser Stadt, nee, du bist einfach nur ein guter Stopfer. Und da kamen wir zurück und dann hat uns echt jemand angesprochen und hatte gesagt so, ja, hier so eine, da gibt es jetzt so einen Zusammenschluss von so ein paar anderen, ähm, die so, die jetzt Fitnessstudio machen und sagen, die überlegen auch, dass sie hier Geschäfte machen, dass sie hier nicht nur Rotlicht auch mal gucken wollen, was sie da machen wollen, wie so, ey, waren wir zu gewissen, die Namen hatten wir noch gar nicht gehört, ey, wer ist das denn und so weiter, ja, die treffen sich an einem Hafen öfters mal und dann haben sie auch gesagt so, und dann hat, war eine Sache getriggert und dann haben sie gesagt so, weil Mike ja auch etwas stämmiger war, die Bilder findet ihr immer wieder bei den Kanalmitgliedern und bei Patreon, Mike war ja auch etwas stämmiger und dann hatten sie gesagt so, ja, was war, ja, diese Fettbacke, der hält sich auch für sonst wen, wo er jetzt aus dem Knast raus ist und mal gucken, wie wir jetzt hier die Stadt übernehmen. Da haben wir gesagt, das werden wir ja mal sehen, ob wir das, was wir uns hier hart aufgebaut haben und damit noch so wenig Geld verdienen, ob wir den Kuchen noch mal teilen und dann, wie es dann passiert ist, wie wir uns am Hafen getroffen haben und wer aus unserem Umfeld dann angefangen hat, Geld zu verdienen und welche Rolle das für uns gespielt hat und wie es mit der Türsteherei weiterging, das erzähle ich euch im nächsten Teil, Leute. Vielen Dank fürs Dransein, Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert immer wieder gerne. Ich freue mich einfach, dass ihr dabei seid und ihr könnt mal gucken bei philipp-schlaffer.de, da gibt es auch einzelne Webinare mit mir, wer das mal machen möchte, eine extremisslos, der Verein hier hinter, da dürft ihr auch gerne immer mal supporten, wir wollen neue Techniken, wir wollen wieder neue Interviews machen durch die Gegend reisen. Einfach kostenlos konsumieren, mein Buch ist raus, Hass macht Gewalt, wer die Story schon mal vorweg lesen möchte und King unter den Kongs, alles möglich, ganz viel, was ihr hier machen könnt, aber hier bei YouTube könnt ihr nach wie vor die Stories alle kostenlos konsumieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Zugucken und verbleibe wie immer mit deinem Ahoi von der Küste. Moin Leute, Teil 14, genau, Teil 14, schön, dass ihr da seid. Wir sind zurück aus Polen, große Zigarettengeschäfte, tangiert mich nur sekundär, das heißt, es betrifft mich nicht so richtig und ja, ich fahr trotzdem mit, ich hab ja auch keinen so richtig geregelten Tagesablauf, alles dreht sich irgendwie, um irgendwo irgendwie Geld zu verdienen. Wir haben uns so eine Art Image aufgebaut, ja auch in der Stadt, alle wissen jetzt, okay, Kriminalität läuft da schon irgendwie zusammen, wenn irgendwas zu machen ist, dann kann man sich schon an die Wänden und wir haben immer unsere Ohren gespitzt, wo auch was los ist. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, auf das wir heute kommen, und das ist nicht nur so in Kleinstädten so, das ist in Großstädten so und wahrscheinlich auch im Dorf genauso, aber besonders in der Kriminalität und in der Gewalttäter-Szene ist das ganz wichtig, und zwar das Thema Gesicht wahren. Ja, also, besonders der Mike hatte auch einen sehr, sehr, in diesem Bezug einen sehr, sehr negativen Einfluss auf mich. Vorher haben wir alles immer nur geregelt, wenn unsere Gruppe direkt angegriffen wurde, Kameradschaft, Wehrwolf. Ja, wenn Leute über uns mal irgendwie sowas gesagt haben, ja, die scheiß Nazis da und scheiß auf die und so weiter, sind wir da vorbeigekommen, haben einen Fuckfinger gezeigt und haben uns trotzdem irgendwie geiler gefühlt. Wir haben dann Gewalt ausgeübt, wenn wir halt in der Gruppe waren und Feinde gesehen haben, aber so einfach, um immer darauf zu achten, dass der Ruf, der Name so stimmt, das war da noch nicht so und diesen Einfluss, den hatte der Mike so auf mich. Er hat gesagt so, wenn jemand was über dich sagt oder über uns oder irgendwie schon drüber munkelt, die wollen uns Geschäfte wegnehmen oder das sind alles nur so Lappen und die beiden auch und die müsste man auch mal platt machen, einen Schlag und die fallen oder die müsste man mal auflauern, wenn man sowas hört. Da war Mike immer sehr auf Zack und hat gesagt, da muss man sofort hin, sofort hinfahren und gerade ziehen. Das ist für viele, viele, viele in der Kriminalität, auch die im Gefängnis kennengelernt und nachher auch in Rockerbanden, Straßen, ist das ein riesen Problem, weil so wenige über sich selber nachher schmunzeln können, so wie ich heute. Wenn ich den Hass im Internet so aushalte, schmunzle ich da immer so ein bisschen drüber oder Leute meinen, sie müssen irgendwas sagen oder tun, dann stehe ich da drüber und ich kann da heute selber über mich schmunzeln. Aber ich habe mir das dann auch ganz massiv angenommen, dass ich das überhaupt nicht auf mir sitzen lassen konnte. Und ich glaube, ganz viele, die können hier kommentieren unter diesem Video und wissen, was das bedeutet, das Gesicht zu wahren, dass man nichts auf sich sitzen lässt, dass man hinfährt und die Dinge regelt und ja nicht irgendwie einen Schritt zurück geht. Wir werden da auch nochmal drauf kommen, wie wir an der Diskothek, die wir übernommen haben, wie wir da hinfahren und dann auch mit einer anderen Türsteiger getroffen. Auch das wird dann hier reinspielen, aber hier geht es um eine ganz andere Sache. Hier war das jetzt so, ich war so unterwegs, ich war zu diesem Zeitpunkt, nenne ich es mal, ein Single-Hallodri, ja, ich bin so von da dorthin und habe die unterschiedlichsten Frauen einigermaßen durchschnittlich beglückt und, wobei da gibt es bestimmt andere Kommentare drüber, ist aber jetzt gerade nicht so wichtig und da war das schon wichtig, irgendwie jetzt drauf zu achten, okay, wir sind hier wichtig, wir sind die Platzhösche, wir haben hier die Kontrolle, das ist unsere Stadt und wir geben hier keinen Cent ab und wir gehen auch keinen Schritt zurück. Dann ist das aber immer wieder so, dass besonders viele, die, was hatte ich in dem letzten Video angekündigt, das ist so, die so aus so, aus so Pumper-Milieu kommen, ja, die dann so, wenn sie sich ihr Testosteron reinballern, dass sie dann, ich sage mal, fast so die, also, wenn man dann anfängt zu trainieren und man sieht so, nach drei Monaten, der Körper verändert sich, man wird stärker, man ballert sich vielleicht was rein und auf einmal steht man vorm Spiegel, die ersten drei, vier Freunde sagen, oh, was ist mit dir, oh, richtig krass, bist ja echt ein Tier geworden und so weiter. Ja, das verändert dann oft so die Wahrnehmung der Leute, dass sie dann denken, weil sie viel Stahl, irgendwie im Fitnessstudio durch die Gegend schieben, dass sie dann dementsprechend auch die Härte haben, sich mit allem anzulegen, aber das, das ist konträr, das ist, das ist nicht, das läuft nicht parallel, je mehr man irgendwie im Fitnessstudio macht, umso härter wird man, umso, das funktioniert so, das funktioniert so nicht. Ja, es wäre ja sonst ja auch so, dass besonders, äh, die harten, mafiösen Strukturen, ja, da müssten ja die Mafiosis alle immer nicht durch die Tür passen, aber so ist das nicht, sondern die sind besonders gewalttätig und sind halt bereit, wie gesagt, den kalten Finger zu benutzen an der Knarre. Und jetzt war das dann so, dass man besonders in so einer Kleinstadt, aber da kann man sich auch täuschen, in so einer Großstadt, ein kriminelles Milieu ist immer so was wie ein geschlossener Kokon oder Mikrokosmos, ja, Kriminelle kennen andere Kriminelle oder Milieu und alles das, was so dazu gehört, ja, Türsteherei, Drogenhandel, Rotlicht, Kleinstkriminelle, was weiß ich, alles so, irgendwer kennt immer irgendwen und das ist auch eine riesengroße Lästerbude. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich mit dem Finger drauf zeige und sage so, oh, ich bin voll enttäuscht über diese Lästerbude und alle haben übereinander immer gelästert und so weiter. Da waren wir ganz vorne mit drin und ich auch ganz weit vorne. Wir haben auch immer über jeden irgendwas hintenrum gesabbelt und voll der Weichei kann nix und nur nach vorne und dann aber ins Gesicht immer die Hand geschüttelt und gesagt, ja, Mensch, der ist ja auch cool und so weiter. Also, das ist so eine Sache, die nimmt man sich so an, aber die Lästerei dort hinterm Rücken ist immer ganz massiv und wie gesagt, es wird ja immer geguckt, wie man den anderen abziehen kann. Also, jeder kennt jeden, das ist in Großstädten auch so, ja, also das ist so eine Milie, so für sich und besonders clevere Kriminelle mal als Lerneffekt, die größere Dinger, die halten sich oft von diesen kriminellen Strukturen und von Straßenbanden und Rockergangs und so fern, weil sie sagen, ich ziehe mir doch kein T-Shirt an, wo ich der Polizei gleich sage, dass ich ein Krimineller bin oder ziehe mir eine Kutte an und alle wissen, ich bin jetzt irgendwie bei einer kriminellen Gang oder so. Also, diese Hardcore Gangster, die im Geheim agieren wollen, die schließen sich oft sowas nicht an und die machen auch nicht so eine Beziehungsarbeit. Ja, vielen ist es dann ja ganz wichtig, ganz berühmt zu werden, auch, also wie nennen sie das, einen guten Ruf in schlechten Kreisen, ja, dass man sagt, dass man voll bekannt ist und, oh, der macht das und dies und, ja, wenn, das ist dann auch immer so, ja, wenn dann so irgendwie 14- und 16-Jährige anfangen, so bei Instagram zu liken, oh, du bist voll der krasse Typ und voll der, voll der kriminelle Obergangster und so weiter, muss man sich fragen, ob man das natürlich will als Krimineller, ja. Also auf jeden Fall, alles, was so gesabbelt wird, geht so umher und da waren jetzt so, waren jetzt so eine Gang, so vier, fünf, so, die jetzt so angefangen haben zu pumpen, sind so durch die Stadt, so mit Muskelshirt, Bauchtasche, ja, und haben dann so vor gewissen Pälen, das ist jetzt der, der, der Schlag dazu, was ich vorher sagte, so, ich hing dann auch so mit so ein paar, mit so ein paar Frauen ab, äh, mit denen ich mich ab und zu getroffen habe und, äh, und die hörten dann das, die waren dann da mal mit ihrem Auto, ja, dann so einen McDonalds-Platz zum Treffen und so, ja, wir reden halt über eine Kleinstadt, 50.000 Einwohner, da trifft man sich dann noch auf so einen McDonalds-Parkplatz oder so und, ähm, die, unbewusst, will ich gar nicht so viel Hater loswerden, aber, einige der Frauen haben das dann auch gar nicht immer so mitbekommen, wie sie unbewusst manchmal so eine Art Kleinkrieg gestartet haben, ja, wenn sie gesagt haben, wow, ich stand da letztens dabei und da waren ja auch, was weiß ich, äh, äh, Adam und was weiß ich wer und die haben über euch geredet und dann fragt man ja, äh, was haben die geredet, ja, will ich lieber nicht sagen und so, naja, rück raus, was haben die denn gesagt, ja, haben die gesagt, ja, du und Mike und so zwei, so zwei dickliche Typen, keine Ahnung, wie die sich jetzt nicht aufspielen, wenn sie hier die Obermafia sind und so, weißt du, da müsste man auch einfach mal hingehen, mal eine Ohrfeige, ähm, einfach mal eine Ohrfeige hauen. Und der Kommentar, glaube ich, der hart getriggert war, ähm, war so, dass sie gesagt haben, so, ja, dem Mike, dem würde ich einfach nur eine Ohrfeige hauen und dann fängt er, und dann, äh, fängt er an zu flennen wie so ein Kleinkind oder so. Man muss dazu sagen, äh, Mike war, äh, etwas komprimierter schon, etwas dicklicher, aber der hatte halt auch schon Oberarme und Unterarme, sag ich mal, also schon so eine, so eine Baumstämme, ja, also der hat, der war sehr stark, Naturkraft hat nachher aber auch Testosteron, da werden wir auch noch drüber sprechen, über, über das eigene Gespritze, äh, und das Konsumieren von Anabolika, ähm, da werden wir dann auch noch drüber sprechen. Und, äh, war da aber sehr Natur und wenn der hingelangt hat, dann, dann war das schon so, dass man da Angst haben musste um seine, um seine Gesundheit. Und jetzt hatte da diese, ich sag mal so, wie alt waren die vielleicht, ich war zu diesem Zeitpunkt so 27, 28, wir waren vielleicht 23, 24, wie gesagt, so antrainiert und dann in der Stadt so ein paar jüngere, jüngere Frauen und dann so zu den Auf, zu den, die so angehimmelt, ja, dann ließen die sich ja auch dann so Mercedes und BMW und stehen so am Hafen rum, hören Musik und machen so ein Aufrad und sagen, das müsste man hier auch mal alles bald übernehmen und dann wurden wir hart getriggert. Und dann haben wir die Namen gehört und dann haben die gesagt, ja, die haben gesagt, wenn die euch mal sehen, dann gibt es auch nur Auffrage und dann fällt Mike sowieso gleich hinten rum, der kann ja nicht sein, der kann ja nicht seinen Stand dann kontrollieren und ist überhaupt kein Ding. Und dann mussten wir uns erstmal die Namen geben lassen, hä, was sind das für Typen, ja, und dann haben wir uns die Namen geben lassen und dann mussten wir uns die zeigen, wie sehen die denn aus, wo arbeiten die und dann haben wir so eine Arbeit gemacht, dass wir rausbekommen, wo arbeiten die, wer sind die alles, wer hängt da mit wem rum. Und da war der Mike so hart getriggert, dass er das nicht auf sich sitzen lassen konnte, könnte man natürlich auch sagen, lass das Gesabbel von den 23-Jährigen oder sonst was, scheiß drauf, die sind nicht wichtig für unser Leben, völlig drauf geschissen. Aber das geht nicht, das geht nicht, das ist so hart getriggert worden durch diesen Satz und wenn andere Kumpels und Freunde von Mike das so gehört hätten, also aus diesem kriminellen Milieu, dass er das auf sich sitzen lässt, dann hätten die auch angefangen zu lästern, ja, guck mal, der zieht nicht mal mehr durch, weißt du, lässt sich hier von so Kiddies, von so aufgepumpten Kiddies dann irgendwas sagen. So, und dann haben die in der Innenstadt gearbeitet bei so einem Restaurant, dann, also zwei davon, die waren da Köche, sind wir da hingefahren, haben dann nachts gewartet, dass die 22.30 Uhr, 23.00 Uhr so aus der Küche rauskommen, dann kamen so die Kellnerinnen raus, die den Aufschluss gemacht haben, gesagt, ja, wir suchen den und den und so, ja, nee, keine Ahnung, der ist noch drin oder ich weiß gar nicht, ob der da ist, ja, die haben natürlich gleich den Braten gerochen, wie wir da so standen und haben gesagt, wo ist denn der, ja, geh mal rein und hol den mal raus, ja, nee, ich glaube, der ist nicht mehr da. Natürlich haut die ab dann, ja, und schreibt dem oder ruft den an und sagt, oh, geh mal lieber nicht hinten raus, da warten zwei so, da warten zwei eher grimmige Typen auf dich und fragen nach dir, ja, kam also nicht raus, aber ist ein Statement schon mal immer, ja, wir suchen dich, ja, wir wissen, wo du wohnst und so weiter, typische Angstarbeit, ja, ich will das auch immer mal sagen, Leute, wenn ihr in einen Konflikt damit kommt, dass Leute euch bei euch so Angstarbeit machen, ruft die Bullen, ruft die Bullen, sagt, wer Angstarbeit gegen euch macht, alle Kriminellen, die ich kennengelernte, haben immer keinen Bock auf Bullen, dann sollen sie Hausdurchsuchungen machen, die Polizei wartet nur auf solche Ermittlungsansätze und so weiter, lasst nicht Angstarbeit mit euch machen, muss keiner über sich ergehen lassen, auf jeden Fall, wir haben das so gemacht, die wollten ja auch irgendwie mit uns spielen, sie haben das ja angekündigt, sie wollen das mit uns machen und dann sind wir immer wieder, haben wir die gesucht, haben wir die gesucht und haben dann auch allen anderen dann so gesagt, in der Stadt, auch so zu Jüngeren, haben wir dann so gesagt, pass auf, wenn ihr die seht und ihr wisst, wo die sich treffen, dann sagt uns mal Bescheid, wo die sind, dann vergehen so drei, vier Tage und die Wut wird nicht weniger, also Wut wird irgendwann weniger, wenn man sich mit der beschäftigt, das ist so ein Phänomen, immer nicht dem ersten Impuls nachgehen, lasst bloß ein bisschen Wasser die Elbe runterfließen, dann ist eure Reaktion nämlich bedeutend überdachter als die im ersten Affekt, aber bei Mike war das jetzt so, die brauchen so einen Ohren und Mike hatte auch absolut keine Impulskontrolle, ich auch nicht zu dem Zeitpunkt, wenn Gewalt, dann massiv und immer weiter und immer weiter, am besten gar nicht aufhören, das war eine Sache, die wir absolut nicht kontrollieren konnten oder auch nicht wollten, muss man auch mal dazu sagen, es werden auch einige können, dürft ihr immer wieder gerne kommentieren, auch eure Erfahrung. Gab es irgendwann einen Anruf und dann heißt es, ja, die stehen irgendwie und hören Musik am Hafen, in Wismar war immer so Treffpunkt, ja, wenn das Wetter gut war, haben die sich getroffen, irgendwie so mit drei, vier Autos, steht man da, macht da einen Harten und so weiter und dann haben wir einen Anruf bekommen, ja, die stehen da und dann sind wir hingefahren und muss man sich das vorstellen, ist das so eine Clique von 10, 12 Mann und Mike und ich haben uns ja jetzt nicht so absonderlich viel Gedanken drüber gemacht, ja, alle wussten, wie viele Leute wir auch mobilisieren können und wir waren uns sehr überzeugt von uns selber. Das hat immer damit zu tun, je mehr man Gewalt gelernt hat, das kann man lernen wie Fahrrad fahren oder so, so hart das klingt, man wird immer besser damit und kann immer besser damit umgehen und vertraut dann auch auf sein eigenes Können, was dann nachher aber zu einer gewissen Überheblichkeit führen kann oder ganz krass zu einer narzisstischen Störung. Auf jeden Fall ab ins Auto, ja, schon im Auto voll aufgeregt und so, ne, ich musste dann schon, also, ich erinnere mich da relativ klar dran, ich sage nur im Auto, ich sage, ich sage mal, den nicht totschlagen, aber das reicht, denk dran, das sind voll die Lauchs, Alter, ja, weil ich das nur, ich habe nur gedacht, wenn du da dreimal mit der Faust reinschlägst, dann guckt die Faust nachher hinten raus und wir können ihn Ärger nicht gebrauchen, denk dran, wir wollen Geld verdienen, ja, 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 und dann, muss man sich das auch so vorstellen, standen die so im Auto, dann fährt man so vor und dann siehst du schon, aus der im Freundeskreis so die ersten Gesichter, die so, ja, und dann siehst du, das ist so ein ganz krasses Phänomen, besonders wenn Leute so, weißt du, vorher dann so, ja, nee, kein Problem, halten wir zusammen und wir zehn und weißt du, wenn die beiden kommen, dann werden wir mal gucken, wir raus aus dem Auto und das soll mir jetzt jemand nachsehen, wenn ich das jetzt so darstelle, wie das so ist, aber damit ihr das versteht, wie das dann so funktioniert, warum dann, warum dann oft so diese Gruppen nicht zusammenhalten, wir so gleich aus dem Auto raus, ja, dann pickt man sich irgendjemanden raus und sagt, was willst du so, man verpisst dich, weißt du, und dann steigt man aus dem Auto raus und fragt so, ja, wer ist denn, wer ist denn hier, wie habe ich die vorhin genannt, Toni und Adam, wer ist denn hier Toni und wer ist hier Adam und dann, ja, die sind da im Auto, dann verpisst du euch, und dann musst du dir das vorstellen, ja, man kommt da trotzdem irgendwie mit dieser Jogginghose, Bodybuilderhose, Bauchtasche, T-Shirt an, ja, und tätowiert und schon ganz schön aufgeplustert, dick, aber halt, man wusste schon, okay, Gewalt ist für die kein Fremdwort und dann auf einmal siehst du, wie aus dieser Gruppe, wie die wirklich sagen so, oh, ich drehe mich mal lieber weg, nee, ich müsste jetzt auch, Mensch, ich wollte noch Hausaufgaben machen oder sowas, ja, also irgendwas wirklich, das ist so ein, das ist so ein ganz krasses Phänomen, dass dann sich so alle wegdringen und die beiden, die beiden dann so im Auto und dann hast du schon so, da hast du dich schon wirklich gesehen und wir sind so auf das Auto zu und, äh, ich erinnere, ich erinnere mich noch, weil, das ist so, wie das dann zusammenbricht zwischen dem, was ich, was ich mir im Kopf ausgemalt habe, wenn, wenn, wenn man dann auf die trifft, wo man Gewalt ausüben möchte und wenn dann die Situation wirklich da ist, dann sind wir schon auf das Auto zu und du hast schon an den Augen, hast du gesehen, Scheiße, ja, also da war der Mut schon sofort gestorben, das kennen einige hier mit Sicherheit, du siehst an deinem Gegner schon, ob du das schon, rein theoretisch schon vor dem ersten Schlag gewonnen hast, weil der Gegner schon völlig, völlig, äh, schon aufgegeben hat innerlich, der zeigt das schon mit seinen Augen, dass er schon aufgegeben hat und weiß, jetzt gibt's, jetzt gibt's ein Auf und Nuss und ich erinnere mich noch, ich erinnere mich noch, wie, also die beiden sitzen da am Auto, muss ich mir das so vorstellen, so mit Muskelschirr sitzen die da, so Tür, Tür so, Tür so halb offen, der andere und Maik, Maik geht zu dem Fahrer, da war die Tür so offen und, und dann sagt er so, und was, 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 du bist Toni, du bist Toni oder was, ja, und dann, äh, äh, ja, ich bin Toni, ich bin Toni und dann hat Maik dann immer so mit der, mit der flachen Hand, das muss man sich so vorstellen, hat er immer so reingekellt, so ins Auto, ja, der war ja so an der Fahrertür und dann immer mit der linken, so mit der flachen Hand, hat ihm ins Gesicht geschlagen, hat ihm ins Gesicht geschlagen und dann hat er gesagt, ja, nur auf, hey, du bist mir auch, und hat immer in sein Gesicht geschlagen, der so, hör auf, hör auf, und dann hat er, der hat nur versucht, den A und R immer, bam, immer rein, ich ums Auto rum, sein anderer Kumpel, als seine Hilfe, was hat der gemacht, die Tür zugezogen und Knopf runtergedrückt. Ja, also das sind die, die vorher gesagt haben, wenn sie dann mit irgendwelchen, wenn sie dann, wo sie dann mit irgendwelchen Mädchen oder Frauen standen oder so, dass sie gesagt haben, ja, man müsste hier in der Stadt mal ein bisschen was machen, ja, und im Fitnessstudio sich, und die ganzen Kumpels alle hier haben den Anglern auf einmal zugeguckt am Hafen, der eine ist losgefahren, wie gesagt, Hausaufgaben machen und die anderen sind einfach abgehauen, vielleicht ein, zwei Frauen haben dann geschrien, ja, wir rufen jetzt die Polizei und so weiter, eine ganz klassische Gruppendynamik auch, wie dann auf einmal so eine Gruppe dann auch zerfällt und der Beifahrer dann so, ja, ich hab gar nichts gesagt, ich sag, mach die Tür auf, mach die Tür auf, Alter, ne, und, dann ist es auch, ist vielleicht auch so eine Sache, ja, wie dann immer gesagt wird, ja, aber gesagt hat er das, ja, gesagt hat er das und Mike hat immer wieder reingekehrt, bis die Nase dann geblutet hat und so weiter, Tür war zu und ich musste dann ums Auto rum und ich hab gesagt, das reicht, das reicht, das reicht, ja, und dann wird ja auch immer noch so eine Botschaft mitgegeben, ne, so, ja, wenn ich dich noch einmal sehe, wenn ich da in ein hässliches Gesicht noch mal irgendwo in der Stadt gehe, wenn ich irgendwo lang gehe, dann wechselst du die Straßenseite, wenn ich noch einmal was von dir höre, dann bist du richtig dran, mach dich richtig platt und immer, ja, ja, vorbei und sagt so, wir wollen von euch hier kein Wort mehr hören, sonst kommen wir hier hin und dann kommen wir noch mal ein paar andere Leute und dann seid ihr alle dran, nein, nein, wir haben, wir standen ja hier auch nur so durch Zufall, ja, ist eigentlich alles so irgendwie so eine Clique, so Art, ja, aber so schnell war sowas dann irgendwie geklärt, also ohne, dass es, äh, ja, jetzt könnte man sagen, ja, Polizei, ich, dass die Polizei gekommen ist, aber es wurde keine Anzeige erstattet, also ist danach kein Verfahren gekommen, soweit ich mich daran erinnere, ist, glaube ich, kein Verfahren gekommen, war immer wieder wichtig, ja, dass danach dann auch immer wieder gesagt worden ist, das war wichtig, das zu machen, dass die Leute wissen, wir lassen hier nicht über uns labern und wer was sagt, der kriegt auch was an den Ohren, ja, nicht, dass das hier so, äh, so ein, so ein, so ein Spaßbetrieb ist, ja, sondern wir müssen immer darauf achten, das Gesicht zu wahren, das habe ich mir sehr tief einprogrammiert, fast die nächsten zehn Jahre lang, dass ich mir auf jeden Fall nichts gefallen lasse, wenn irgendjemand irgendwas sagt, dass man dann immer losziehen muss, von, vom Schlagen bis hin zu Waffen und das ist eine Sache, die viele hier lernen können, Leute, ich weiß, ganz viele gucken das ja immer und sagen, sie wollen auch in den Wandel, wollen sich auch Veränderungen weg von Gewalt, das erste, was man vielleicht mitlernen kann, ist, einfach drauf geschissen, was andere denken und das Gesicht zu wahren, ist vielleicht wie viel wichtiger, gegenüber dem Partner, der Partnerin, gegenüber der Familie und da ein cooler Typ zu sein, was andere über einen sagen, ist scheißegal, das musste ich sehr schwer lernen, konnte das damals nicht. Das war so ganz wichtig, immer wieder, jetzt könnte man sagen, ja, krasse Leistung, aber nur um klarzustellen, hier geht nichts, hier wird nicht gelästert oder zumindest nicht, dass wir es mitkriegen können, aufpassen und dann danach auch nie wieder so richtig was von denen gehört, das muss man auch mal dazu sagen, dann geht man ins Fitnessstudio, pumpt weiter, aber weiß, dass Pumpen und Gewalt noch eine ganz andere Liga untereinander ist. Für uns war jetzt auf jeden Fall klar, Zigarettengeschäft stockt und dann sind wir auf jeden Fall noch ein bisschen auf die Idee gekommen, okay, wir hatten immer wieder diese Türsteheranfragen und wir hatten dann ja so eine Art Clique, es bahnt sich dann so langsam ja diese Rockerzeit an, auf die wir bald kommen werden und dann sind Maik und ich auf die Idee gekommen, okay, wir mussten ab und zu mal eine Rechnung stellen für gewisse Aufträge und ich habe das immer über meine Firma gemacht, war damit auch nicht so zufrieden, ich habe das zwar darüber mal laufen lassen, wir haben dann nachher auch immer mal so bei Messen und in Hotels Security gemacht, was da immer weggekommen ist, was da geklaut wurde, kann ich euch gerne nochmal alles in Ruhe erzählen, ist immer eine Riesengefahr, auch wenn man Kriminelle irgendwie als Security anstellt, aber kommen wir nochmal zu. Ja, dann haben wir die Sicherheitsfirma, Security Firma Wismaria gegründet, Wismaria Security, hatten da das Wismarer Stadtlogo in Schwarz-Weiß gemacht, Wismaria Security, die Visitenkarte habe ich irgendwo noch als Entwurf, ist für die Kanalmitglieder und für Patreon, schmeiße ich die rein, das Bild und haben diese Firma gegründet und haben dann jemanden vorgeschickt und zwar haben wir dann den Tätowierer aus unserer Clique genommen und haben das auf seine, also auf meinen Tattoo-Laden, aber er war ja da der Tätowierer und haben das über seinen Laden die Adresse laufen lassen und haben auch seinen Namen benutzt, weil Maike und ich natürlich mit Vorstrafen und so weiter schwerst vorbelastet waren. Und dann hatten wir uns das vorgestellt, es gab damals, dass ja die litauische Mafia, die hatten ja ganz Rostock sozusagen im Griff, der Pate von Rostock, die hatten damals auch viel Geld gemacht, weil sie die unterschiedlichsten Läden mit Sicherheit, als Sicherheitsdienstleistung erpresst haben. Die sind in die Läden rein, vom normalen Café bis Tattoo-Laden bis hin zu Fitnessstudios und sind rein und haben gesagt, ja Mensch, wir kriegen hier monatlich 250 Euro und dann habt ihr keine Probleme und dann sagen die meisten Läden ja natürlich, ja wir haben keine Probleme. Ja, aber können ja immer Probleme kommen und dann passiert das natürlich, dass die ersten Leute dann mal vor so einem Laden sitzen, rumrandalieren, keiner kommt, man kann sich da Scheiße benehmen, andere Gäste hauen ab, dann geht eine Scheibe zu Bruch, die Kellner werden belästigt, Kellnerinnen werden belästigt, ja im Interieur passiert was, die Hauswand wird besprüht und so weiter und dann geht man irgendwann wieder hin und sagt, Mensch, hier ist ja ganz schön was los und die haben das wirklich geschafft in kürzester Zeit in Rostock mehrere, aber die Zahl ist jetzt, ist nicht safe, das weiß ich nur so aus dem Umfeld von Danilo, der ja die rechte Hand vom Paten von Rostock war, dass die wirklich 100, 150, 200 Läden nachher unter sich hatten, die teilweise zwischen 250, 500 oder 1000 Euro Schutzgeld im Monat bezahlt haben, man nennt es Schutzgeld, aber es war über die Security-Firma abgerechnet, kann man sich vorstellen, was man damit einnimmt, dass da eine stabile Einnahme ohne groß was zu tun, die hatten dann ihren Aufkleber damals gegengemacht, ich glaube, die Security-Firma damals aus Rostock hieß DBS und, aber ich will der Firma nicht zu nahe treten, vielleicht gibt es sie heute noch, bitte nicht verklagen, aber sind ja wahrscheinlich neue Eigentümer und die hatten dann diesen Aufkleber immer dran und da wusste auch jeder aus Rostock, okay, machst du hier was, dann bist du dran und leg dich damit nicht an, das war klar geregelt. Das war sowas für uns wie so ein Vorbild, haben gesagt, Mensch, wir müssten ja auch an gewisse Läden mal ran und wir sind dann auch an unseren ersten Laden rangegangen und hatten dann auch so Aufkleber produziert von Wismaria, ja, mit so einer Kontakttelefonnummer und dann www.wismaria.de oder so und sind dann an den Metal-Laden in sind dann an den Metal-Laden in Wismar rangegangen und haben gesagt, ja, wir würden doch hier die Security machen. Wir hatten gehört, dass die mit der Firma unzufrieden war, mit der wir später auch immer mal wieder Stress haben sollten mit dieser Türsteher-Firma und sind da hingegangen und haben gesagt, Mensch, wir würden hier Security machen. Also, ah, der Wechsel ist schon scheiße, ich habe da auch Angst, wenn ich jetzt die anrufe und sage, ich will die Firma wechseln, kommen die her und setzen mich unter Druck. Ganz krass so irgendwie, man beauftragt diese Türsteher-Firmen, um irgendwie Ordnung zu halten, aber wenn die gekündigt werden sollen, dann kommen die auch immer und machen Angstarbeit. Angstarbeit in diesen Milieus, Türsteher, Drogen, Gangs und so weiter, ist immer ein großes Thema. Und dann hatten Mike und ich halt gesagt, ja gut, pass auf, wir rufen die an und klären es und sagen, wir nehmen das, scheiß auf die, weißt du, und die melden sich nicht bei dir und dann sind wir ab dem nächsten Tag dran und dann bezahlst du uns jeden Monat 250 Euro. Nur, wenn irgendwas ist, rufst du uns an. Also, er brauchte keinen festen Türsteher. Er sollte nur, wenn er Veranstaltungen macht, dann würden wir ihm Türsteher stellen. Den haben wir Doorman genannt, ja, damit er nur die Tür auf und zu macht, damit man keinen 34a-Schein braucht. Weiß ich gar nicht, ob das funktionieren wird, ob es rechtlich in Ordnung ist, aber das wurde dann Doorman genannt. Und dann haben wir ihn ab und zu mal ein Doorman gestellt, wenn er da Veranstaltungen hatte. Aber grundsätzlich ging es dann um das Anrufen, wenn es Ärger war. Da haben wir das auch übernommen. Andere Türsteherfirma war richtig angepisst, aber wir hatten sowieso eine schlechte Konnecke dahin und haben das aber auf sich sozusagen erst mal sitzen lassen. Aber es war ganz klar, wenn man da mehr wegnimmt, dass dort was passieren wird, wozu wir dann auch noch kommen. Wozu wir noch alles kommen, oder? Und dann waren wir da drin und haben gedacht, gut, da 250 haben wir irgendwie Blut geleckt oder 250 oder 300 oder 350 glaube ich sogar im Monat. Und da war das für uns klar, okay, Kleinvieh macht auch viel Mist, ja. Da war ich aber noch nicht darauf vorbereitet, dass diese Läden wirklich anrufen. Ja, wir haben gedacht, wir kassieren die 350, unser Aufkleber ist da dran und dann reicht das, dass die Leute da keinen Stunk machen, weil wenn wir kommen, dann gibt es auch eine Ohren. Also wir waren ja nicht so ein Security-Dienst, der da ankommt, mit so einem Wagen hier, Sicherheitsdienst Schulz, mit einem gelben Licht oben drauf und dann so mit so einem grünen Security-Pullover, Schlüsselbund, Handy am Gürtel und dann so, ja, ich würde Sie bitten, jetzt hier mal den Platz zu verlassen, sonst rufe ich die Polizei oder so. Wir kamen natürlich gleich an, wer hat die Stunke gemacht? Rein, Alter, zack, Ohrfeige, raus, wer bist du? Braucht man nicht als Security, sage ich immer wieder, dem seriösen Firm. Waren wir also nicht darauf vorbereitet, angerufen zu werden und dann war das wirklich so, dass dann nachts, irgendwann nachts um zwei, was weiß ich, Donnerstag oder Donnerstag, Mittwoch, Abend irgendwie so, ruft Mike mich an und sagt, wir haben gerade einen Anruf aus der Metal-Kneipe, da gibt es Ärger und da machen zwei Brüder aus Wismar, die immer so als, das waren eigentlich drei Brüder und die haben so einen Ruf gehabt, die haben sich immer wieder geprügelt, wir auch als Neonazi-Club haben uns auch immer wieder mit denen geprügelt und die sind hier, die sollen rausgeschmissen werden, die haben bedroht, die haben Gäste bedroht, der hat einen Gast angegriffen und so weiter, hat er uns angerufen, ob wir den entsorgen können. Boah, scheiße, das ist ja genau meine Welt, 350 Euro, teilen wir noch, Steuer drauf, scheiße, nachts losfahren, Mike sagt, ja, ich bin gleich da, komm runter, rein in die Jogginghose, ja, Bauchtasche umgeschnallt, T-Shirt an, ab in die Stadt gefahren, wir kommen schon so um die Ecke, wir hatten in unseren Autos, also in seinem Q7 und in meinem Touareg hatten wir schon immer diese Maglite-Langen Maglite-Taschenlampen und nachher halt immer diese kurzen Fiskars-Exte, aber grundsätzlich erstmal die Maglite-Taschenlampen oder nachher auch mal Golfschläger, also ganz unterschiedliche Schlagwerkzeuge, die man dann da hatte. Und dann kommen wir da um die Ecke und dann sehen wir schon, draußen sind schon ein paar Leute, Gäste, die rausgegangen sind, weil sie Angst haben, ja, wir kommen dann an, raus, einfach natürlich direkt vor dem Laden geparkt, rein in den Laden und dann sehen wir ihn schon, ich weiß gar nicht mehr, nennen wir ihn einfach nur Stefan, ich glaube, da habe ich sogar getroffen, ja, Stefan waren so drei Brüder alle, die waren sowieso, der Älteste war der Größte, zwei Meter groß, wirklich breit, dann der Nächste war 1,90 groß, etwas kleiner 1,80 und so waren die auch vom Alter her, und kommen wir rein in den Laden und er dann total betrunken, ja, vielleicht auch druff, ja, rumgepöbelt und hatte auch schon, und die Leute und wir dann rein, Handschuhe, Handschuhe, Maglite und Mike kannte ihn ja und dann hat er sich voll aufgeplustert, ja, also der Stefan hat sich voll aufgeplustert, ja, was denn und wie das weiterging, was da passiert ist dann bei der Mettekneipe, das machen wir das nächste Mal, Leute, Daumen hoch, Daumen runter, also, Gesichtwahn ist nicht so wichtig, da denkt immer dran, kommentiert immer gerne Leute, die diese Erfahrung so haben, ähm, checkt doch mal aus, King oder den Kongs, wenn ihr das supporten möchtet, das Buch ist raus, Hass macht Gewalt, könnt ihr auch gerne kaufen bei, was weiß ich, Amazon, Thalia oder bei King oder den Kongs, ähm, dann philipp-schlaffer.de, gibt's persönliche Webinare, der Verein dahinter ist extremistlos e.V., gibt's auch, äh, Möglichkeiten da in Kontakt zu treten, wenn du raus willst, aus dem Extremismus, Kriminalität, melde dich gerne bei uns, und wir versuchen zu helfen, ansonsten verbleibe ich, wie immer, mit einem Ahoi von der Küste. Moin Leute, da melde ich mich mit dem 15. Teil Multikriminell, ja, der Mike und ich hatten ja, äh, Wismaria Security gegründet, ich hatte das immer mal gesagt, das Bild wird für die Kameradenmitglieder und für die Leute bei Patreon eingeblendet, ich muss das nochmal suchen, alles, ähm, ja, wir hatten so einen Aufkleber an so einer Kneipe dran, hatten dann auch, ja, immer wieder so Gegenwind gegen so eine andere Türsteherfirma, da wird's auch nochmal Ärger geben, da reden wir dann auch nochmal drüber. Jetzt ist es auf jeden Fall so, wir wurden nachts angerufen, wir hatten dann so eine Art Dienst, als Doorman angeboten, weil wir selber als Türsteher da ja nicht so erarbeitet haben, aber es hieß, wenn es Ärger gibt, dann kommen wir da hin, gab ein Obolus dafür, wir hätten gedacht, dass wir da gar nicht hin müssen, sondern dass die meisten dann gar keinen Ärger machen, wenn es heißt, wir sind da. Okay, wir waren da, der Stefan von den Daltons, ja, von Lucky Luke war, von oben nach unten waren die, jetzt war da sozusagen der Große, der starke Bruder, hatte auch so einen Ruf, so als Schläger, ja, auch ein paar Mal so im Gefängnis gesessen, so wegen Gewaltdelikten und so weiter, immer wieder gab es den Namen, so war für mich absolut unwichtig, ich habe die überhaupt nicht ernst genommen, das war dann auch so, die sind dann oft so ausgeflippt, wenn, die waren dann zwei Monate zu Hause in ihrem Familienleben, so, ja, gefangen, so in ihrer Welt, so ein bisschen Family Ritter-like und dann aber sind sie ab und zu mal völlig ausgebrochen, haben sich dann komplett gehen lassen, dann so über zwei, drei Tage mit weg, verschollen und Gewalt und so weiter und haben das so etappenweise gemacht, da kenne ich ganz viele, die das dann so gemacht haben, die das eine Zeit lang zu Hause ausgehalten haben, okay, wir kamen an, Handschuhe an, Medleit in der Hand oder Fiskars Axt an der Seite, ja, immer in der, in dem Glauben auch, ja, wir sind jetzt hier im Recht, wir werden gerufen, um hier Recht und Ordnung durchzusetzen, Polizei für Arme zu spielen sozusagen oder wie kann das sein, wir dürfen jetzt hier alles durchsetzen, wir dürfen hier voll durchziehen, wahrscheinlich dann auch aus der Denke heraus, so, ja, scheiß drauf, wenn wir hier übergriffig werden oder so, da haben wir ja das Recht zu, wir wurden hier angerufen, der hat Ärger gemacht, deswegen mussten wir mit Gewalt dagegen vorgehen, das ist so ein großer Trugschluss, den viele haben, was dann immer in den Bereich der Selbstjustiz reingeht, okay, eher auf jeden Fall rein, ich hatte im letzten Video gesagt, stark alkoholisiert oder wahrscheinlich auch druff, ja, irgendwelche aufputschenden Drogen, sowas wie Amphetamine oder Koks, aber da geht man jetzt nur rein, nicht rein und macht schnell einen Abstrich und sagt, ja, Digga, du bist gerade druff, vielleicht sind deine Taten nicht mehr ganz so, ganz so nachvollziehbar, ja, steht man da so, man ist sowieso schon irgendwie genervt, dass man angerufen wird, Maik und ich rein, er hat da drinnen Haken gemacht, der wird, stand schon ganz verängstigt da, der uns auch bezahlt, stand ganz verängstigt hinterm Tresen und dann zieht man den ja erstmal so raus und dann kommt das typische Gehabe und das ist so, ich will euch jetzt hier eine Dynamik erklären, die wahrscheinlich ganz, ganz viele hier kennen, das werden Leute kennen, die an der Tür stehen, die selber Gewalttäter sind oder wie das in Kneipen oder Freunde sich verhalten und so weiter, ist ein ganz typischer Ablauf, glaube ich, auf jeden Fall dann rein und rausgezogen und dann der Stefan hat dann den Maik auch begrüßt, ja, die kennen sich dann auch und so, was machst du denn hier, ja, ich bin wegen dir hier, ja, und dann, was will der, zeigst du auf mich, weil wir waren uns jetzt nicht so grüne, ich fand die eher assi und die fanden mich scheiße aus unterschiedlichen Gründen, keine Ahnung, müsste man die fragen, aber eigentlich hatten wir vorher nie so unbedingte Berührungspunkte, aber man kannte sich so und der eine Gewalttäter will dem anderen Gewalttäter auch keine Props geben, so, ja, und sowieso ist das so grundsätzlich, dass viele Gewalttäter auf andere Gewalttäter herabgucken, ja, weißt du, da der Glück gehabt, pickt sich immer nur Schwächere raus und sonst was und in der Gruppe sind sie stark und, ja, all solche Dinge, ja, und dann sag ich so, sag ich so, ach, na, ich meinte das so machen lassen und dann sagt sie so, ey, ich gehe hier nicht raus, ich will nur mein Bier austrinken, so typisch so dieses, ja, ich habe das Bier hier bezahlt und die steht noch im Schnaps und ich will hier noch was zu trinken und so und dann versucht man so reinzuladen und sagt, nee, nerv nicht, pass auf, du bist drüber, hau ab hier, Alter, weißt du, oder nein und dann greift man so, greift man so an den Arm ran oder so, ja, und sag so, komm mit, komm mit jetzt, ja, und dann kommt so dieses ganz typische, ja, fass mich nicht an, fass mich nicht an, ja, schlägt dann den, schlägt dann den Arm so weg und da ist so das erste, die erste Körperlichkeit funktioniert. Ich persönlich, ich hätte den gleich am Kragen gepackt raus und, ja, gib ihm, bin ich ganz ehrlich, hätte ich gesagt, scheiß drauf, denn natürlich übermäßiger Alkoholkonsum und dazu natürlich irgendwelche illegalen Substanzen, die durch die Nase gezogen werden, die machen einen übermütig, aber die werden dann nicht zu einem übermenschlichen Kämpfer werden, das ist auch so eine Erfahrung, die ich dann halt gemacht habe. okay, auf jeden Fall generve, ich so, Mann, Alter, habe mich so ein bisschen, habe mich so ein bisschen zurückgenommen und Mike ihn dann rausgedrängt. Jetzt, der Stefan wollte jetzt nicht unbedingt Ärger mit Mike haben, die kannten sich wohl auch über das Gefängnis und Mike war wahrscheinlich, oder das ist relativ sicher, dass Mike in der Gefängnis-Hierarchie über ihm war, ja, war eine Respektsperson für ihn, aber wie gesagt, dieser Alkohol macht dann sowas mit einem, ja, oder auch die Drohung. Dann ist man draußen, so vor der Kneipe und, und dann hört es ja nicht auf, da wird ja niemand rausgeschmissen, weil, man hat wieder das Problem und ich komme da immer wieder drauf, ja, der Gesichtsverlust, ja, ich lasse mich doch nicht aus meiner Kneipe, wo ich gerade Umsatz gemacht habe und wo ich hier in der Stadt einer der härtesten Schläger bin, lasse ich mich doch hier nicht aus so einer Kneipe rausschmeißen, ja, wie könnt ihr es wagen und so weiter, das ist doch alles übertrieben und so weiter, ich habe gar nichts gemacht und scheiß drauf, wieso hat der Penner Angst und, und dann geht die Diskussion los und das ist immer sehr körperlich, ja, also das ist dann immer so, dass alle bauen sich auf, ja, da wird so, wird sich groß gemacht und, äh, die Körperhaltung ist schon sehr angespannt und jeder, der ein bisschen Straßenerfahrung hat, der merkt das so, wenn, wenn so Körperspannung entsteht, ja, so, und dann bereitet man sich auch so vor, man ist völlig im Tunnelblick und dann draußen immer wieder und dann, und dann gab es so dieses Gelaber so untereinander und dann sagt der Stefan, sagt dann so, sagt dann so zu dem, zu dem, Mike sagt dann so, oh, Digga, wir kennen uns seit Jahren, weißt du noch, wie wir im Knast waren und, oh, die guten alten Zeiten, die Wehmut, weißt du noch, wie wir im Knast uns ein Brot geteilt haben und du mir eine Wurstscheibe mehr gegeben hast und so weiter und ich war da völlig allergisch gegen, und dann immer so, Mann, hau auch einfach ab, Alter, ich will einfach nur wieder zurück, verpiss dich einfach, weißt du, so immer aus dem Hintergrund sage ich, Mann, hau ab, Alter, weißt du, nerv jetzt nicht, Alter, ich will nach Hause und er dann immer so, ja, wie kannst du das zulassen, ich will doch nur rein, mein Bier austrinken oder ich muss mich da gerade machen und jetzt willst du mir mein Gesicht nehmen, ja, dass ich mich von euch rausschmeißen lasse, was werden die Leute über mich denken, was werden meine Brüder denken über mich, weißt du, dass ich mich hier von euch rausschmeißen lasse und dann gibt es immer so, dann gibt es so oft, was man so beobachten kann, das werden vielleicht ganz viele kennen, kommentiert das gerne mal drunter, wer das kennt, ja, dass dann, dass dann so den, den man rausschmeißen will, dass der dann so, so sehr körperlich wird, ja, dass die dann so Gesicht angreifen und sagen, Digger, was los und wollen sich umarmen, komm Alter, erinnere dich und lass da jetzt reingehen und ich, und weißt du, so eine Art Verbrüderung, so dieses ganz stark Alkohol, Drogen, Verbrüderung und so weiter und dieses Körperliche mag ich dann sowieso nicht, wenn jemand so alkoholisiert und so auf Drogen so körperlich werden wollte, das ist nicht so meine Welt, ich brauchte so meinen Mikrokosmos, das heißt, er hat immer wieder, er hat immer wieder mit, mit Mike gelabert, ja, und ich dann immer so aus dem Hintergrund, ich sag, ich sag Mike, Alter, seh doch, schieb ihn doch jetzt einfach weg, der soll jetzt die Straße hochgehen und soll nach Hause gehen, von mir aus soll er in eine andere Kneipe gehen, womit wir nichts zu tun haben, ist mir scheißegal, ja, und dann muss man sich das so vorstellen, stand der Stefan, der Mike dazwischen und ich so dahinter und er dann immer so, ja, was willst du denn, was machst du denn jetzt eigentlich hier und halt doch deine Fresse und ich so, ja, komm, Alter, verpiss dich einfach nach Hause, mach mir meinen Arm nicht kaputt und so weiter und dann versuchen, dann war sozusagen jetzt auf einmal so der Mike dazwischen, weil der Stefan sozusagen jetzt seine Wut an mir auslassen wollte und dann war das so, dass er natürlich, er war schon auf einem anderen Aggressionslevel als ich, der hatte sich schon die letzten ein, zwei Stunden in der Kneipe mit Leuten angelegt, war sowieso auf Agro, war angespannt, hatte Adrenalin, wollte sich boxen und fühlte sich irgendwie, irgendwie gut drauf für Gewalt. Ich wurde angerufen, bin wach geworden, scheiße, da müssen wir jetzt hinfahren, ja, ich komme, fahren da hin, Scheiße, wer ist da, Nerv, war mein Agro-Potenzial nicht ganz auf seinem Level und in einem Straßenkampf ist das Aggressions- und Gewaltpotenzial ist oft viel wert gegenüber den kämpferischen Skills, also ganz gefährlich wird es, wenn jemand kämpferische Skills hat und das dazugehörige Gewaltpotenzial, ja, was wahrscheinlich bei vielen, ähm, weiß ich nicht, ähm, Kampfsportlern auch das Problem ist, wenn sie nachher keine Ausgeglichenheit neben dem Sport haben. Auf jeden Fall, und dann wollte er immer so an Mike, so, wollte er zu mir rum, wollte er zu mir rum, du willst mich jetzt hier rausschmeißen, ja, war nochmal 10 Zentimeter größer als ich, aber das hat mich jetzt nicht absonderlich beeindruckt und kam dann, kam dann immer und dann ist es so, dass, dass du dann ja noch versuchst und sagst und mir geht dann ja auch durch den Kopf, Scheiße, wenn du den jetzt boxst und dann musst du dich jetzt hier boxen, das ist ja mitten in der Innenstadt der Laden, kommen hier gleich die Bullen, kriegst wieder Anzeige, wieso bist du hergekommen, ja, und so weiter, für die scheiß Piepen hier, ja, und dann so an dem Mike vorbei und dann ist eine ganz klassische, klassische Situation, da gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viele Videos im Internet, dass noch der, der ein bisschen überlegter ist, damit will ich jetzt nicht sagen, ich war jetzt sowas wie ein Ruhepol oder die mega überlegte Person, sondern einfach, dann geht die Person oft so in den Rückwärtsgang und sagt so und dann, und dann passieren so Dinge, die dann so passieren, äh, die Beleidigung, so, ja, was willst du denn, weißt du, was meinst du, Alter, wenn ich dich morgen erwisch, dann knall ich dich um und du sagst, ja, ja, aber dann fängt so das Körperliche auch an, dass du so, dass du so an der Jacke wirst geschoben oder so, touch dich an, schieb dich ein bisschen nach hinten, du gehst wieder einen Schritt zurück, gehst wieder einen Schritt zurück, Mike dann hat gesagt, Stefan, dann, äh, ähm, ja, dann musst du da jetzt halt durch, weißt du, also es war ganz klar, ähm, dass, wenn das da jetzt auch knallt, dass, äh, Maiko und ich natürlich gegen Stefan vorgehen, egal, ob die sich mal eine Scheibe Wurst im Knast geteilt haben oder sonst was, das war ganz klar, dass wir den dann, äh, zermöbeln oder so, ich dann vier, fünf Meter wieder zurück, wieder vier, fünf Meter zurück und das, äh, das denken, einige empfinden das dann so als eine Art Schwäche, ja, aber das hat damit dann nichts zu tun und, äh, und irgendwann hat dann, äh, ich hab immer wieder gesagt, ich sag, fass mich nicht an, laber mich nicht an und fass mich nicht an, oder lass deine Hände runter und, äh, sonst kann ich hier für nichts garantieren, hat Mike irgendwann, hat dann auch gesagt, ja, dann scheiße auf dich, Stefan, ich hab's versucht, ne, und dann kam er so an, schwank so drauf, los, bam, gab's eine rechte, direkt ins Gesicht, zack, sofort zu Boden. Das ist jetzt nicht, weil ich jetzt übermäßig der, äh, der Straßenfighter bin und so, ja, also bitte, bitte lass mich in Ruhe, ich will heute einfach in Ruhe gelassen werden, aber es ist dann, da, da kommt dann nicht nochmal Deeskalation, dass ich überlegt habe, ja, jetzt hau ich ab, lass das nur Mike machen und so weiter, ich konnte auch aus der Situation nicht raus, eine klassische Dynamik, beide können jetzt nicht mehr raus aus dieser Situation, ich lass mich beleidigen, antatschen, nein, lass ich nicht, er ist im Vorwärtsgang, er will sich nicht rausschmeißen lassen, ich bin für ihn ein Idiot, er ist für mich ein Idiot und jetzt muss das hier geklärt werden, er natürlich voll alkoholisiert, eine gerade ins Gesicht, zack, sofort, sofort, ähm, am Taumeln, er ist nicht, er ist nicht umgekippt, ähm, und bin dann natürlich immer hinterher, also hab dann angefangen mit ein paar Frontkicks, äh, gegen ihn und immer wieder mit der, mit der Faust auf Körper und auf Gesicht, ja, bis er dann zu Boden geht, und dann, dann passiert natürlich was, weil du dann nicht, du dann nicht aufhören kannst, es ist natürlich jetzt schwer, das so in diesem Video vorzumachen, weil die Aggro, die Aggressivität, die man damals in sich getragen hat, dann, die wird, die wird losgelassen, wie von einem, wie von einem Wolf, der irgendwie, äh, äh, an der Kette gehalten wird und schon völlig am Lospeitschen ist und dann wird völlig, völlig losgelegt und dann wird auch nicht aufgehört, so ruhig du vorher sagst, du sagst, fass mich nicht an, fass mich nicht an, nach dem Schlag pulsiert das Adrenalin rein und dann hört man auch nicht auf, wieder auf ihn eingeschlagen, ja, er hat auch dann auch angefangen zu bluten und so weiter und bis dann Mike mich dann irgendwie weggezogen hat, gesagt, hör auf, hör auf, das reicht und dann steht er auf, ja, und sagt so, äh, kommt so Pöbelei natürlich so in diesem Alkoholzustand, äh, wieso schlägst du gleich zu und so weiter und ich so, der, was ist los, Alter, du Fesbiani und machst so was, na klar ist die Situation, das musst du mir vorstellen, kann natürlich nicht Leute wie uns als Dormen, Türsteher und so weiter nehmen, aber es ist eine Dynamik, wie sie hier wahrscheinlich mehrere hunderte Zuschauer auf diesem Kanal schon erlebt haben, dass genau so die Dynamik funktioniert, mit dem Gesicht machen, nicht zurück und so weiter und dann wird ja nicht aufgehört, dann wird ja nicht aufgehört, ja, und ich sag, und dann bin ich ja auch, jetzt gehe ich jetzt in die Offensive und ich sag, Digger, wenn du noch mehr willst, dann komm, und ich sag, dann zerschmetter ich dich jetzt hier richtig, Alter, ja, das heißt, jetzt hatte dann Mike noch zu tun, mich runterzubringen, er mich zurückzuhalten und der hört natürlich auch nicht mit seinen Gesten auf und sagt, ja, ich scheiß drauf und so weiter und, ähm, es ist dann noch, äh, so gekommen, dass er dann nochmal, nochmal eine Kelle bekommen hat, bis, äh, bis es wirklich dann auch K.O. war, bis er dann gemerkt hat, okay, jetzt, äh, ein, zwei Platzwunden im Gesicht und dass jetzt auch der Faden durch war bei Mike und, bei mir gab es kein Halten mehr und, ähm, da tut man sich dann aber schwer, selbst beim Weggehen und beim Wegkriechen sozusagen gibt es immer noch Pöbelei und so entstehen dann auch oft ein Totschlag oder schwere, schwere Körperverletzung, weil dann jemand nachgeht, nochmal nachsetzt, weil er nicht aufhören kann und ich hatte leider das auch in mir, dass ich in diesen Situationen nicht aufhören konnte, ähm, glücklicherweise war dann noch jemand dabei, wenn ich mir vorstelle, jetzt der Mike wäre nicht dabei gewesen, kann es gut sein, dass in so einer Situation, dass in diesen Situationen ein Totschlag passiert, darf man auch immer nicht vergessen, ähm, egal was und das hat, wenn man, äh, wenn man sozusagen unkontrolliert irgendwann mit voller Gewalt auf den Körper eines anderen einschlägt, äh, können diese Dinge passieren, auch beim Hinfallen auf Kahnstein, Asphalt und so weiter. Ja, hat sich verpisst, wir sind nachher mit diesen Brüdern nochmal aneinander geraten, nachher, ähm, innerhalb des Motorradclubs, aber dazu kommen wir später, Leute. Fährst da weg, fährst da weg, Nacht im Arsch, Tag im Arsch, macht sich voll die Gedanken für das Geld, so fährst da hin, ich denke mir so, Digga, ich fahre doch jetzt nicht alle zwei Wochen für die paar Piepen da hin und prübel mich da rum und sonst was, das ist schon nervig, das ist schon nervig, aber die Türsteherei sollte auf jeden Fall noch ein bisschen weitergehen. Ich hatte gesagt, wir hatten diese Firma gegründet und wir haben das nachher auch nicht unbedingt ausgeweitet, dass wir diese Aufkleber, diese Masche, die es aus Rostock gab, haben wir in Wismar nicht unbedingt ausgebaut, weil wir nachher andere Geschäftsfelder für uns entdeckt hatten, die wir als weitaus lukrativer angesehen haben als das. Aber für uns war es jetzt über einen Bekannten, der später in den Rocker-Serien und im Drogenhandel eine Rolle spielen wird, ist der auf uns zugekommen und hat gesagt, dass eine Art Diskothek, ich will ja sagen, es war eine Diskothek, aber das war auch so eine Art Veranstaltungssaalort mit einer Diskothek, wo jeden Freitag so eine Art Dorfbums war. Die Diskothek war in Krüppelin, ich glaube, die gibt es noch, die habe ich letztens gegoogelt in der Vorbereitung und die hieß zum Raben. Ich glaube, das kann man jetzt heute sagen, weil es ist eine neue Location jetzt, das ist umgebaut worden und die hieß zum Raben und da war eine Veranstaltung und da standen welche vom Gremium MC an der Tür, die damals noch in Wismar aktiv waren und aus deren Umfeld und das war so Bad Seven, der Supporter Club und so weiter und die standen da an der Tür, aber mit denen waren sie mega unzufrieden und der hatte darum gebeten, ob wir die nicht ablösen könnten und die Tür sozusagen übernehmen würden. Eine feste Tür, warum nicht, war scheiße bezahlt, muss man echt sagen, aber für uns ging es jetzt langsam darum, die Leute halt in Lohn und Brot zu bringen. Ja, also immer wieder muss man gucken in diesen Strukturen, wenn wir jetzt was aufbauen wollten, es nähert sich an die Zeit der Rocker-Zeit und wir wussten, okay, einige Leute müssen Geld verdienen und wenn da Veranstaltungen Freitag sind, manchmal waren dann Sonnabends Konzerte, naja, war ein fester Betrag, gibt es mal 150 für die Nacht, wenn dann jemand da im Monat, weiß ich, drei, vier Mal steht, nimmt 600 Cash mit, kann er wenigstens seinen Motorrad- und Clubbeitrag und so finanzieren und viele der Jungen hatten da Bock drauf. Was heißt, der Jungen oder auch einige, die haben das so als Image angesehen, ja, ich bin jetzt Türsteher und ich stehe hier, ganz wichtig, hier Security, Handschuhe gucken hinten raus, Mac Light in der Hand oder ganz wichtig, steht man da an der Tür. Da hat der Chef uns angerufen, bin ich mit Mike die Woche über mal hingefahren und haben uns da mit einem echt, ja, der Chef war schon speziell, ja, also, wie man sich das so vorstellt, wie so ein, vielleicht, wie so ein, wie so ein Typ, der so Ballermann-Partys so organisiert, ja, irgendwie so Camp David, Hemd offen, Kette, also Hashtag No Hate an alle die Camp David-Trage, was für mich ein ganz Klischee so, ja, ein bisschen, ein bisschen verpeilt und der Laden an sich, der ging schon so in Ordnung und dann haben wir uns mit dem getroffen, und der Jammer, Jammer ist ja sowieso immer das Erste, was gejammert wird, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld. Ja, damit man in der Diskussion ja nicht gleich startet und wir haben gesagt, das brauchen wir die Stunde, ich weiß nicht mehr, was wir gesagt haben, was wir die Stunde, dass wir die Stunde brauchen, 25, 25 Euro oder so und da fallen die eben alle hinter rüber und sagen so, oh, die anderen, die haben das für 10 Euro die Stunde gemacht und so weiter. Ja, die haben das für 10 Euro die Stunde gemacht, weil sie die Hälfte der Eintrittsgelder sich in die Tasche gesteckt haben. Dann hast du mich nicht 10 Euro bezahlt, nicht 25 Euro, sondern hast du 50 Euro die Stunde bezahlt. Ja, aber ich will die auch loswerden, die lassen hier so viel umsonst rein und irgendwie lief das. Scheiße, haben sich dann nicht gekümmert, wenn es Ärger gab, haben auch keine Regeln umgesetzt, ja, zu betrunken. Ich muss dazu sagen, dieser zum Raben war irgendwo, zwischen Wismar und Rostock war dieser Laden und das hat schon ein sehr dörfliches Klientel angezogen. Also an sich ist ja Wismar sowieso schon dörflich, Hashtag No Hate. Aber jetzt waren wir noch mal so in der Mitte davon, das war schon sehr dörflich, ja, also da gab es, also da warst du schon zufrieden, okay, du hast ein T-Shirt an, du hast eine Hose an, du hast irgendwelche Schuhe an, kannst rein. Ja, also, und so haben wir uns dann geeinigt und der Chef hatte dann uns darum gebeten, bei dem Gespräch haben wir gesagt, okay, wir haben uns dann irgendwie geeinigt, ja, und da sowieso immer Diskussionen, ja, ich brauche höchstens einen Türsteher. Ich sage, man kann nicht alleine als Türsteher in einem Laden arbeiten. Die Leute haben dann immer so Vorstellungen, man braucht immer Backup. Ich finde, zu zweit ist schon echt kritisch, ja, also da geht echt Ehre raus an alle Türsteher so, die sich das, die sich das jeden Abend oder was es am Wochenende geben und so weiter, die dafür sorgen, dass man sicher feiern kann an alle, die das ordentlich machen. Riesen Props, Leute. Wie es nicht geht, das lernt ihr jetzt von mir. Also, alleine geht auf gar keinen Fall, haben zwei Leute also durchgesetzt und er hat gesagt, ja, einer von euch muss immer dabei sein. Boah, mega bedient, Maik guckt mich an, ich ihn. Ich sage, oh, nee, ich sage, das kannst du gerne machen. Nee, mach du. Und, oh, scheiße, beide keinen Bock drauf. Okay, ja, machen wir erst mal so und haben uns dann geeinigt auf die finanziellen Rahmenbedingungen und haben gesagt, okay, wir schlagen immer irgendwie 21 Uhr auf bis morgens um sechs, bis der Laden zu ist. Und das war ja so gar nicht meine Welt. Da kriege ich ja richtig, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, bis morgens um sechs, bis um sieben zu Hause, der ganze Sonnabend im Arsch, Laune im Arsch. Das war so, ich hatte da so gar keinen Bock drauf. Und in dem Laden, auch wo wir da waren, hatte er dann auch die beiden Jungs da von Bad Seven oder Gremium oder wo, die war dann angerufen. Und in unserem Beisein hatte der die angerufen. Ich glaube, einer der Typen, hieß der Balou Ballon oder so? Weiß ich nicht mehr. Ist das, ist ja jetzt auch nicht so wichtig für die Story. Aber auf jeden Fall, er hat die angerufen und hat gesagt, ja, ich würde, ich habe jetzt hier neue Leute, die das machen und dann am Telefon so erstmal, das geht gar nicht, wir kommen da vorbei, kommen mit den ganzen Leuten vorbei, die Tür gehört uns, das Geld gehört uns, wir lassen uns hier nicht rausschmeißen, weißt du? Und dann, und dann, wir so, ja, da melden sich, da melden sich welche andere, die das jetzt übernehmen, die sind aus Wismar und die übernehmen das und die so, wieso aus Wismar, da kennen wir alle, wer soll denn das übernehmen und so weiter. Dann haben wir gesagt, ja, pass auf, wir klären das, haben den Betreiber rausgenommen, haben gesagt, pass auf Digga, gib mal her das Telefon. Und dann haben wir die angerufen und haben gesagt, pass auf, wir übernehmen das, wir wollen euch hier nicht sehen, ihr kommt hier nicht mit den Club-Klamotten an, ihr kommt nicht mehr rein und so weiter und dann, riesen Palaver am Telefon, ja, erst hier die große Schreckschraube machen, äh, äh, Gespenst meine ich, also Schreckgespenst und, ähm, also hier, wir kommen mit, äh, wir kommen mit 500 Mann, äh, aus ganz Deutschland und übernehmen die Tür zurück vom, zum Raben, wo es um 300 Euro am Wochenende geht oder 400, 500 Euro am Wochenende und wir so, ja, ja, komm mal her, ich sag, äh, selbst wenn ihr einmal mit 20 Mann auftaucht, danach fahren wir jeden von euch einzeln besuchen und dann seid ihr alle dran. Was ist also passiert? Nichts ist passiert. Das war die Gegenwehr, wo die Tür übernommen wurde von denen und dann standen wir an der Tür. In dem Laden sind sehr, sehr viele lustige Geschichten, äh, passiert. Persönlich kann man die jetzt hier nicht alle so auflösten, weil das wäre dann, das würde sich ziehen wie Kaugummi, ja. Ich, ähm, ich fand das immer ganz lustig, die, die Sprüche, die, die Türsteher aushalten müssen ist, wir, wir waren wahrscheinlich die gelangweiligsten Türsteher, die es je gab und wir hatten da so ein Sessel, da war so ein Fenster, einer stand, einer saß im Sessel und hat noch die Bändchen so rausgegeben, ja, muss man sich so vorstellen, ja, ähm, ja, hier, mach mal Handtasche auf von den Perlen, damit die dann nicht da irgendwie, äh, zwei Sixpack Bier in so einer Riesenhandtasche mit reinschmuggeln oder Flaschen und so weiter und du hast da schon immer, du hast da schon immer viel Heckmeck, ja, die Diskussion und wenn der da einen DJ da hatte und das waren echt so, das war DJ, DJ Pfeife von um die Ecke, der den Abend auch aufgelegt hat für 150 Euro, aber das muss ja irgendwie bezahlt werden, der lebt ja nicht nur von den Getränken, das ist wahrscheinlich das schönere Geschäft, aber dann ist einfach mal Eintritt, sag ich mal, was war Eintritt da manchmal in dieser Diskothek? 5, 6, 7 Euro, ja, und du hast wirklich die Gruppen, die da ankommen und diskutieren, an dem Eintritt von 5, 6, 7 Euro, das war das Dauergespräch und dann habe ich diese Gespräche geliebt und der Besitzer hat schon immer gesagt, egal wer nach mir fragt, ich bin nicht zu sprechen. Da war ich auch nicht drauf vorbereitet, an so einem festen Club mal zu stehen oder an so einer Dorfdisse, da an der Tür zu stehen und zu sitzen, wo dann Leute ankommen und sagen, kannst du mal den Camp David Typen holen? Ich so, nein, der macht unten die Party, ja, aber ich kenne den, ich muss keinen Eintritt bezahlen. Ich sag, Digga, hier bezahlt jeder Eintritt, außer mir und Mike. Jeder bezahlt hier Eintritt. Ja, ich muss das nicht machen. Ich so, warum denn nicht? Ja, ich kenne den. Ich sag, ich kenne den auch. Ich sag, ich sag, um was geht es dir denn? Ja, ich will nicht, und dann hat er natürlich seine 2 Mietzen und 3 Mähdrescher Kumpels dabei, den er vorher alle gesagt hat, wo sie sich warm getrunken haben, hat er gesagt, Eintritt brauchen wir nicht machen, ich kenne den, ich kenne den Camp David Typen, überhaupt kein Problem, macht euch keine Sorgen. Jetzt steht er da zu sechst, was ich, 5 mal 7, 35, 42 Euro soll er bezahlen, will er nicht machen. Riesendiskussion, Riesendiskussion. Will ich nicht, scheiß Laden und sonst, wer seid ihr überhaupt? Und dann wird sich groß gemacht und so weiter und das nervt die Diskussion. Dann sagen wir, Digga, bezahl doch sonst erstmal die 42, unten im Laden gehst du zu dem Camp David hin und lässt dir das erstatten, Alter. Ohne Ende Diskussion, Betrunkene, kann sich kein Mensch vorstellen, was Türsteher sich alles anhören müssen. Und ich habe das nur wenige, ich habe das vielleicht 2 Jahre gemacht oder so und das war fürchterlich, was man sich anhören muss. Ich weiß das und dann konntest du ja auch so ein gewisses Klientel so gerne, so geil rausarbeiten, die dann auch so, die dann auch so an die Tür kamen und dann so gesagt haben, wollen so an dir so vorbeigehen, beachten dich gar nicht, sind so mega cool, haben dann so ihr hautenges T-Shirt an, gut war bei mir auch, aber aus anderen Gründen und wollen so an dir vorbeigehen und du so, ey Digga, was ist los, Alter? Stoppst ihn so und sagst, pass mal auf, wieso gehst du jetzt hier einfach durch? Und dann sagt er zu dir und das ist der beste Spruch, ich glaub den kennt jeder Türsteher, Digga, weißt du nicht wer ich bin? Ich so Digga, nee, keine Ahnung wer du bist, Alter. Ja, ich bin, ich bin Fridolin. Ja, ich bin Fridolin. Ich sag Digga, noch nie gehört von Fridolin, keine Ahnung, Alter, keine Ahnung wer du bist, du musst dir bezahlen und stell dich hinten in der Schlange an, Alter. Ja, weißt du, ich komm aus Rostock, hat er gesagt. Ich sag so Digga, ist mir scheißegal wo du herkommst, stell dich in der Schlange an, Alter, du musst dich bezahlen und du dich die Kontrolle wie jeder andere und dann, und dann er so, ja, und wenn jemand schon beschreiben muss, wer er ist, dann bist du unwichtig. Leute, die was sind oder die was darstellen und was zu melden haben, die stellen sich nicht vor, weißt du wer ich bin? Eine Lektion vielleicht hier für jüngere Leute und dann sagt er so, und dann sagt er in der Diskussion, baut sich so auf mit seinen Kumpels, so mit seinen Pumpe, steht er dann da so, ne, wir beide stellen uns dann so hin und sagt, du bist mir scheißegal und sagt er so, ja, weißt du, wen ich kenne? Ich so, nee, erzähl mal, Fridolin. Und dann sagt er so, ja, ich kenne, ich kenne den, ich kenne den Paten aus Rostock. Hm. Ich sag, ja, das ist ja, das ist ja schön für dich. Ja und, ja, ich hab da bei der und der Security Firma auch bei ihm und da mal gejobbt und so und deswegen, wir bezahlen in keinen Läden in und um bei Rostock was. Ich sag, ja, hier bezahlst du. Ja, ich hab doch gerade erzählt, wen ich also alles kenne und wer ich bin. Ich sag so, Digga, das sagt mir gar nichts und ist mir scheißegal. Und dann machen die ja so einen Harten und sagen so, ja, soll ich den jetzt, ja, dann rufe ich da jetzt an oder was und dann werdet ihr sehen, was ihr davon habt. Und dann sag ich so, sag ich so, Digga, weißt du was, kannst du mein Telefon nehmen, Alter. Ich hatte ja auch seine Nummer. Ich sag, pass auf, rufst ihn hier an, rufst ihn hier an am Telefon, laberst ihn voll, jetzt sag ich mal hier um halb zwölf oder um Mitternacht, rufst ihn an und sagst, ey, Pate von Rostock, ja, das war ein litauischer Mafia-Pate, rufst ihn um halb zwölf an und sagst, ah, Digga, wir haben hier Ärger mit deinen Geschäftspartnern aus Wismar und ich will hier, ich will hier 21 Euro mit meinen beiden Kumpels nicht bezahlen. Weil wir dann gesagt haben, ich sag, Digga, weißt du was, guck mal, machen wir so. Und dann natürlich, ey, nee, nicht anrufen und so weiter und dann haben wir gesagt, pass auf Digga, machen wir so. Du stellst dich wieder in die Schlange, bezahlst den Eintritt und dann fährst du morgen nach Rostock und lässt dir die 21 Euro wiedergeben von den Paten. Das ist immer so geil, wie dann Leute so von so auf so runterbrechen und dann sagen, ah, wusste ich ja nicht, oh, und sonst, wie läuft es sich an der Tür, kommen nachher dann immer wieder an, oh Mensch, einen Schnack halten und so weiter, war ja vorhin nicht so gemeint, wir müssen nur mal gucken. Ich dachte, hier stehen andere an der Tür, aber es ist jetzt ja cool, dass ihr da seid und so weiter. Boah, kommt es aus der Lächerlichkeit nicht raus. So ist das, was man da an der Tür erlebt, ist absolut peinlich. Ich weiß nicht, ob ich die 21 Euro erstattet bekommen habe, aber gut möglich, ja. So, also, was war aber los? Die Dorfjungs, komm rein, die Dorfjungs, komm rein, lassen sich nicht raus, lassen sich nicht rausbringen und wie ich hier mit dem Tomfer jemandem das Gesicht zerschlagen habe, das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Ansonsten verbleibe ich wie immer mit einem Ahoy von der Küste. Checkt mal aus, Extremist los, werdet Pate oder Kanalmitglied gerne, dann könnt ihr immer die Bilder, Videos und sonst was alles sehen, was alle anderen nicht sehen und ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen, King oder den Kongs, das Buch ist raus, alles andere und ich verbleibe wie immer mit einem Ahoy von der Küste. Moin Leute, da melde ich mich mit dem 16. Teil Multikriminell, wir stehen an der Tür zum Raben, klingt schon nach wichtiger Diskothek, sehr dörflicher Bums, aber darf man nicht unterschätzen, ich glaube in der Großstadt gibt es andere Sorgen an der Tür, kann ja vielleicht der ein oder andere mal berichten, ist jemand recht herzlich eingeladen auf diesem Kanal, das zu erzählen, was er in seiner jahrelangen Arbeit an der Tür, an der Großstadt erlebt hat, recht herzlich eingeladen. Ja, bei uns war es auf jeden Fall so, ich muss mal dazu sagen, die Dorfjugend und so ältere Dörfler, die dann auch so mit Sandalen kommen und so ein Hemd, naja, wenn die den ganzen Tag so ein Heuballen mit einer Hand so durch die Gegend schmeißen, naja, die haben auch, die haben so einen Oberarm, ohne dass sie was tun und wenn die hinkellen, da wächst dann auch manchmal kein Gras mehr, also das sollte man nicht immer so unterschätzen und ja, wir standen da jetzt an der Tür immer mal im Wechsel, Maik und ich aber oft noch am Anfang so zusammen und hatten dann versucht, immer mehr Leute bei uns in Lohn und Brot zu bringen. Jetzt war diese Diskothek im Einzugsgebiet von Rostock, so kann man das sagen. In Rostock gab es damals einen großen Umbruch in der Rocker-Szene, also dass von Gremium zu 81 gewechselt wurde. Da war viel mehr Expansion, da war mehr Power drin, jetzt sollte es um mehr Geld, noch mehr Geschäfte gehen und so weiter. Man wollte was darstellen, man wollte auch eines der prestigeträchtigen Schepter werden, also da ging, da ging richtig was rund, sehr durcheinander auch. Die meisten, die da was zu melden hatten, sind heute nicht mehr dabei, also braucht sich keiner irgendwie angegriffen fühlen. Es war jetzt auf jeden Fall so, als wir da standen, hatten wir dann auch Besuch bekommen von Bekannten, die wir mittlerweile dann so aus der Rocker-Szene kannten, die dann auch dort zur Tür gekommen sind. Und da wird dann immer Geld gewittert. Das Geld an der Tür wird ja dann verdient, wie gesagt, auch dadurch, dass man auch Drogenhandel dort machen kann. Man kann das Drogengeschäft bestimmen, man kann bei der Eintrittsgelder was manipulieren und natürlich das Geld, was man überhaupt für die Türsteherei kriegt, man kriegt die Jungs in Arbeit sozusagen. Und der Mike war jetzt nicht so Rockerclub-affin, hat davon nicht viel gehalten, sich so eine Lederweste umzuziehen und dann auf einmal wer zu sein. Es gibt auch sehr viele, die sich das Ding natürlich nur überziehen und sind dann erst wer. Da gibt es natürlich auch ganz andere, die diese Jacke nicht brauchen oder sie dafür auch nicht missbrauchen. Das ist oft sehr unterschiedliche, unterschiedliche Motivationen, die dahinter stecken. Auf jeden Fall standen wir da so, hatten dann angerufen, hatten dann angerufen, ja, wir kommen heute auch mal vorbei und dann steht man da so an der Tür und ja, dann begrüßt man sich. Man hat eine professionelle Distanz, ja, man kennt sich, man mag jetzt sich nicht so megamäßig. Hier kommt jetzt der Steffen auch ins Spiel. Der Steffen, der war ja, der war so impulsiv, war ja so aus der, aus der Hooligan-Szene, hatte sich ein bisschen einen Namen gemacht durch so Schlägereien und war jetzt halt auch in diesem, von dem einen Rockerclub zum anderen Rockerclub gewechselt und hat da die Position des Sergeants eingenommen. Die waren damals noch in dem Prospekt-Status und er war sehr, sehr aufbrausend, hat auf alle heratgeguckt. Er, wie er immer gesagt hat, hat er immer gesagt, die Fotze, die Fotze, die Fotze, die Fotze, immer alle, alle. Er kannte, glaube ich, nicht einen harten, coolen Typen, den er auf Augenhöhe gesehen hat. Das war natürlich ab einem gewissen Punkt nachher auch sehr problematisch und der kam dann an, dann sind sie vorgefahren, jetzt nicht unbedingt, dass man sagt, jetzt könnte man sagen, sind die mit dem Motorräder vorgefahren? Nein, sind sie nicht. Ja, und wir standen dann da, waren ja nur zu zweit und dann so mit vier, fünf Mann kommt man so in die Tür, man geht so ein bisschen beiseite, stellt sich so hin, alle plusen sich auf, machen einen auf hart. Man kennt sich, man kennt sich, man tut so, als wenn man sich mag, man mag sich eigentlich nicht, aber man weiß, man braucht einander, aber man muss die gewisse Härte vorweisen. Da sind so viele ambivalente Schwierigkeiten so drin, ja, wie man sich so gibt. Zu nah ist zu blöd, dann wird man abgezogen, zu hart beschwört man den Krieg rauf und so weiter. Aber auf jeden Fall ging das Gespräch relativ schnell rum, ja, wie kann das sein, jetzt ihr aus Wismar kommt jetzt hierher, so in Rostock, so um der Umgebung und rein theoretisch wäre das ja unser Einzugsgebiet. Und wir so, ey, welches Einzugsgebiet, weißt du, dann mach doch erstmal Rostock sauber. Die kommt dann natürlich gleich und sagt, mach doch erstmal eine Tür in Wismar. Und wir so, ja, gut, drehen wir uns im Kreis. Und dann sagt sie so, ja, aber das ist nun mal so, ne, wir beanspruchen nun mal das Gebiet Rostock für uns. Und, äh, wir haben gesagt, naja, also der Ort, in dem der Laden war, war vor den, war vor den Stadtgrenzen. Also das sind Gespräche, die finden wirklich statt, Leute, ja. Also das ist hier nicht ausgedacht, ja. Also mit diesem Gebiet und wer wofür was zuständig ist, wenn es um Geld geht, da ist ja dann sowieso sehr, sehr schnell Ende. Und dann gibt's halt so eine Diskussion und sagt, naja, wir sind raus aus Rostock, das ist jetzt hier, äh, ich weiß gar nicht, welcher Landkreis das war, welcher Landkreis ist denn das? Äh, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein Landkreis zwischen Wismar und Rostock. Dann haben wir gesagt, ja, keine Ahnung. Und wieso habt ihr die nicht vorher übernommen? Wir haben das auch mit Gremium geregelt, haben die angerufen, dass die hier raus sind. Wieso habt ihr denn das nicht gemacht? Ja, wollten wir auch gerade machen. Ja, wolltet ihr gerade machen, habt ihr aber nicht. Ja, dann versucht man dann so, sich den bisschen standzuhalten und sagt, ja, warte, um das bisschen Geld und was es jetzt hier geht, deswegen wollen wir hier aneinander und da waren Maike und ich auch recht klar in der Ansage und haben gesagt, wir lassen uns das hier nicht wegnehmen. Ne, wenn dann hier so ist, na und, dann müssen wir halt gucken, wozu es kommt, werden wir halt sehen, was da passiert und, ähm, das sind nicht so, das sind nicht direkte Drohungen, auch nicht niedrigschwellig, ja, man will das nicht so raus provozieren. Maike musste sich da manchmal schon ein bisschen, musste sich den schon zurückhalten, weil der, wie gesagt, dann immer gleich, äh, knallen wir dich ab, knallen wir den ab, knallen wir den ab, ja, gut, du kannst nicht durch die Gegend gehen und jeden abknallen und dann nicht für 500 Euro am Wochenende an der Tür, also, das ist ja, das ist ja Blödsinn, ja, man muss denen schon eine gewisse Härte entgegenstrecken und sagen, okay, will man in den Krieg ziehen für 500 Euro oder für 2000 Euro im Monat, will man dafür Krieg führen oder wollen wir nicht lieber zusammenarbeiten und nachher geile Geschäfte machen und viel mehr Geld, alle verdienen mehr Geld, ja, das, das ist ja dann immer so, wenn man damit so ein bisschen ködert, Mensch, wir zusammenarbeiten, können wir viel mehr übernehmen, wir helfen euch, wir, aber ist schon immer so ein bisschen so, so ein Stachel im Fleisch, so von einigen, besonders der Steffen konnte damit nicht umgehen, da waren ja auch bedeutend clevere Leute in dem Club damals, die nachher erst übernommen haben, die waren bedeutend bessere Netzwerker und konnten viel, äh, viel mehr in die Zukunft gucken und haben sich auf ganz andere Geschäfte konzentriert, im Größeren, anstatt jetzt so sich um eine Tür zu prügeln und so, aber der Steffen konnte nicht zurück, einfach so aus seinem, aus seinem Ego heraus und, äh, bei uns hat er halt auch Granit gebissen und dann ist das erstmal, ja, werden wir dann mal Club intern besprechen und so weiter, ist ja gut, aber wir bleiben ja Kumpels und dann alles hier wieder, oh, Schulter klopfen, geil, lass zusammenhalten, vielleicht machen wir was zusammen und so weiter und wir dann so, ja, mal gucken, ne, dann ist natürlich, ich will auch gar nicht immer wissen, wie das Geläster so ist, ich kann nur unser Geläster immer da geben, weil ich natürlich nur bei dem Geläster da war, also die fahren natürlich auch los, los und, und wir sagen dann auch, oh Gott, Alter, was war das für ein Auftritt und so, wieso sind sie vorher nicht gekommen, weißt du, sollen sie doch erstmal in Rostock da ein paar Dinger übernehmen und so weiter, da trauen sie sich dann an den Paten von Rostock nicht ran, da vor der Litauischen und Russenmache, da machen sie den Arsch ran und so weiter und jetzt hier, jetzt hier an so einer kleinen Diskothek, wenn wir das schon übernommen haben, da kommen sie dann ran, so ein Geläster und dann, da gibt es immer, ich will da gar nicht so, so böses Blut machen, aber ich kann mir auch vorstellen, natürlich, die steigen auch ins Auto und sagen so, die beiden halten sich für sonst wen, die müssen wir beide mal wegboxen, die dicken Typen oder sonst was halten sich für sonst wen, hat er überhaupt kein Problem, mal die platt zu machen und so, scheiß drauf, also, das habe ich so, so oft erlebt und das ist ganz, ganz, also da waren ganz viele dabei, es gab ganz wenige, die ich kennengelernt habe, die waren auch in sehr, sehr hohen Führungspositionen, die sich da so nicht so zu verleitet haben, die da auch drauf geachtet haben, die wussten, okay, wenn ich ein Geheimnis bewahren möchte oder ich möchte, dann haben die nur für sich gedacht und haben das nicht jemand mitgeteilt und ja, das waren dann immer so komische Auftritte und sowas musste man sich dann kümmern und das war dann völlige Scheiße und da hattest du natürlich noch die Arbeit an der Tür nebenbei, die mich sowieso abgefuckt hatte, ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt eine neue Perle, ich war frisch verliebt und deswegen war die Tür auch nicht für mich attraktiv, dort an der Tür zu flirten und so weiter, das war mir dann ganz wichtig, ich wollte unbedingt dringend nach Hause, ja, man schreibt dann ab 22 Uhr, ist mal an deinem Handy, wird der eine oder andere Türsteher kennen, ab 22 Uhr schreibt man dann so, man fängt gerade an zu arbeiten, ja, und dann kommt die erste WhatsApp-Nachricht, wo drin steht, wann kommst du, du, in acht oder neun Stunden oder so, ja, und dann hat sie mich da halt auch öfters besucht, deswegen war so der attraktive Teil, so das Flirten oder vielleicht eine alte Abschleppen war da für mich kein Thema, weil wie gesagt, gerade frisch verliebt und umso mehr die Laune im Arsch, dann immer wieder die Diskussion an der Tür hatten wir dann so und die potenziellen Gewalttäter, Leute, die ein bisschen Erfahrung an der Tür haben, die sehen die Pappenheimer schon am Gang, die erkennt man, man erkennt seine Schweine am Gang, das ist einfach so, ja, wer sowieso gut draufkommt, buntes Klientel, Frauen, Männer, irgendwie, die keine Diskussion über Eintritt, keine Diskussion über Durchsuchungen machen, so von, von den Handtaschen und so weiter, da weißt du, da wird höchstens, schläft da einer mal ein am Tisch, den du dann weckst und rausschmeißt und die fragen bitte und sagen, der ist doch wieder wach und dann sagst du, ja komm, ich gebe dir noch eine Chance und so weiter, hast du keine Diskussion, hast keine Pöbeleien und so weiter, geht alles. Ich will es echt sagen, wer dann T-Shirts trägt, oft hier Jaxcusa, Yakuza, Pitbull, Troublemaker, was weiß ich, all so ein Klim-Bim-Kram, den ich auch von oben bis unten ja getragen habe, es steckt No Hate, aber es ist schon ein spezielles Klientel, die dann mit einer sehr männerlastigen Gruppe kommen und dann auch schon sich so, die steigen schon aus dem Auto aus und flüstern sich so auf, ja, kommen auch schon so vor, haben schon so einen Gang drauf, versuchen dann so irgendwie hart zu gucken, grimmiges Gesicht aufsetzen, ich habe das jahrelang gemacht, ich bin so froh, dass ich das losgeworden bin, aber du erkennst dich schon, dann stehst du auch zusammen auf, hast du die Diskussion, es geht um den Eintritt, wieder die Diskussion und so weiter. Das Problem ist, wenn man zu zweit an der Tür ist, es gibt Ärger in dem Laden, muss einer oben bleiben und einer geht runter. Zur Not haben wir vorne die Tür zugemacht, aber wir haben auch das Geld einkassiert in dem Laden, also wir haben den Eintritt kassiert, haben die Stempel rausgegeben oder Bändchen, zwischendurch wurden dann Bändchen eingeführt und ja, dann musst du erst mal die, wir hatten dann so eine Art Kassen, so eine Art Kassenhäuschen, ja, also so ein Raum, wo dann so eine Durchreiche war, wo man so früher Essen durchgegeben hat und dann musste man die zumachen, Tür zuschließen und dann konnte der zweite erst in den Partyraum runter in den Keller laufen, ja, das war so, wir hatten oben den Eingang und dann ging so eine Partytreppe runter in so einen riesen Keller, wo dann zwei oder drei Partyräume war, einmal großer Barbetrieb mit irgendwie Dance-Musik und dann gab es ein Blackroom und ein Hardstyle-Room und so, ja, also wo so ganz unterschiedliches Klientel ist und dann musst du natürlich erst mal runter, dann kommt ja oft eine Barfrau hoch, wir hatten zwar Funkgeräte, aber eine Disco, so was, was, äh, 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 ach scheiße, Alter, das ist doch kacke, ja, also da wummern ja auch Bässe und so weiter, also, wenn schon irgendjemand unten stumm gemacht hat, ist eine Barfrau hochgelaufen gekommen ähm, und hat dann einen der Türsteher so, du dann, du dann Tomfer an die Seite, wir hatten immer einen Tomfer, ein Tomfer ist, äh, kennen wahrscheinlich viele von Filmen oder, äh, amerikanische Polizisten tragen die, glaube ich, ne, ähm, also ein Schlagstock mit einem Griff, ähm, äh, mit dem man schon recht gut aktiv werden kann, wo man, äh, gerade mit schlagen kann, man kann auch abwehren, oder man kann ihn auch mit der langen Seite schlagen, also damit kann man schon viel machen, wenn man damit ein bisschen geübt ist, kann man damit schon viel machen, ist schon eine gefährliche Waffe, mit der man wirklich hart zuschlagen kann, oder Taschenlampe mit, oder man geht erstmal runter und guckt, was los ist, grundsätzlich hatten wir das Publikum ausgesucht, wir wussten, okay, sind hier ein paar Leute eine Gefahr, sind die keine Gefahr und so weiter, ähm, alles querbeet, grundsätzlich, wenn ich schon bei dem Eintritt war, will ich natürlich sagen, also wir haben bei dem Eintritt immer, immer manipuliert, ja, der, äh, das ist so, äh, als Betreiber, und wenn man eine Security-Firma da hat, sollte man immer jemanden an die Kasse setzen, dem man vertraut, dann müssen wir so auch wirklich gucken, vertraue ich dem wirklich, und macht der das wirklich in meinem Interesse, der hat alles Mögliche versucht, das geilste, der geilste versucht, ich habe ja gesagt, dieser Betreiber war ein bisschen, nennen wir es mal, äh, ja, durch den Wind oft, ja, ich weiß nicht, hier oder hier, also, war auf jeden Fall immer ein bisschen durch den Wind, und, ähm, dann gab es Ungereimtheiten immer mit dem Eintritt, äh, was uns natürlich klar war, und da hat er gesagt, ja, okay, also wir müssen jetzt den, die Eintrittskasse zählen, und eine Strichliste führen, ja, und dann haben wir gedacht, ja, okay, scheiße, irgendeine, äh, der wird irgendeine vom Personal neben uns setzen, die führt eine Strichliste, und wir sammeln das Geld ein, ne, weißt du, was seine Idee war, wir sollten selber die Strichliste führen, haha, ich so, hä, der erklärt mir das, und sag so, ja, ihr müsst Striche machen für ihn, der reinkommt, und dann das Geld, äh, in die Kasse packen, so, ja, okay, ja, das ist eine gute, gute Kontrollfunktion, hä, weißt du, also wir, wir konnten dann, wenn 180 Leute gekommen sind, dann habe ich trotzdem nur 150 Striche gemacht, habe die Differenz von 150 zu 180 Gästen rausgenommen, ich verstehe nicht, wo seine Kontrolle war, also wirklich mit sowas hatten wir zu tun, und auch da hatten wir, nachher hat er das dann eingeführt, Stempel weg, weil er die Stempel nicht mehr, ähm, nachweisen konnte, und mit dem rein raus, Stempel ab, drauf, hast du dir mein Gesicht gemerkt, und so weiter, hat er Bändchen eingeführt, ja, die bunten Bändchen hatten wir alle auch im Auto, wenn er an einem Tag hatte, er lila Bändchen, dann sind wir zum Auto gegangen, haben 40 lila Bändchen rausgeholt, haben dann auch 40 lila Bändchen rausgegeben, also, ähm, da gibt es so viele Manipulationsmöglichkeiten, das kann man sich gar nicht vorstellen, es war auf jeden Fall immer irgendwie, äh, irgendwie merkwürdig, aber auf jeden Fall haben wir uns an jeder Sache immer bereichert, also, das muss man wissen, wenn man auch so eine, so eine Art Rockerbande, kriminelle Bande, kriminelle Vereinigung an die Tür stellt, dass da Scheiße abläuft, das ist nun mal so, ja, ähm, deswegen auf seriöse Firmen zurückgreifen. War dann auf jeden Fall immer so, äh, in diesem Klientel ging es schon sehr, sehr früh los, viele kamen schon sehr, sehr betrunken an, wir hatten auch die Order bekommen von dem Chef, Hauptsache rein, Hauptsache der Laden war voll, wenn der am Abend, äh, zwei, dreihundert Gäste hatte, war da schon richtig was los, das muss man sich mal vorstellen, zweihundert, zweihundertfünfzig Leute irgendwie, und zwei Türsteher, das ist schon fast unverantwortlich, aber er wollte es halt nicht mehr austüten, ab und zu, bei größeren Sachen, wenn was Größeres lief, waren dann halt auch mal drei Leute da, ähm, aber, äh, grundsätzlich waren wir dann zu zweit da. Ich hatte an, äh, an einem der Abende, war, glaube ich, auch mein letzter Abend da, hatte ich dort, äh, hatte ich Schicht mit jemandem, der später auch bei uns dann, ähm, in die Bande eintreten sollte, in die kriminelle Vereinigung, in den Rockerclub und so weiter, und, äh, war ein junger Mann, äh, schon auch sehr körperlich, ne, fand das auch noch cool, so mit dem Ding durch die Gegend zu laufen, und, äh, ja, ich hab dann die Position übernommen, mich oben in den Sessel hin zu flitzen, so wie ich's heute auch am liebsten machen würde, den Sessel hin zu flitzen, und sagen, ja, hier, vier Leute, was weiß ich, vier Leute, ah, sieben Euro, krieg ich halt, 28, nee, mach mal 40, gib mal 40 Euro, ja, und hab dann die Kasse gemacht, und fühlte mich da sowieso mit am Wurzen, und, äh, und der, so junge Leute, oder einige, die dann auch so sehr körperlich sein wollen, und auch den Respekt bekommen wollen, dass die Türsteher sind, die laufen halt auch gerne mal durch den, durch den Raum durch, so als Kontrollgang, du hast eigentlich gehasst, schon die Treppe rauf, runter, war mir ja schon zu viel, hab überhaupt keinen Bock drauf, was soll denn die Scheiße, ja, also, aber die dann so natürlich oben sitzen zu zweit, und dann sozusagen so, ja, nur laber, laber, eine Stunde rum, zwei Stunden rum, und die sind alle 20 Minuten sind die immer so auf Kontrollgang gegangen, ja, so, und dann natürlich bei irgendwelchen Frauen so hingestellt, und so, ja, seid ihr safe, oder was, keine Ahnung, was man da so sagt, ja, ihr seht, ich finde, in der Sache nicht so gut, ja, äh, okay, auf jeden Fall dann immer wieder, und, dann, funktioniert das besonders, wenn das eingelaufene Läden sind, wo viele sich kennen, und dann wahrscheinlich auch in so dörflichen Strukturen, gab es wegen irgendwas irgendwie Ärger in dem Laden, und das mag sein, ich hab kein Bier umsonst bekommen, jemand anderes kippt dem anderen das Bier um, oder sonst was, keine Ahnung, keine Ahnung, was, was los ist, ja, jetzt kommen wir zu einer Gruppendynamik, die jeder, der in der Tür ist, kennt, und das schnellt das Adrenalin auch hoch, und wer sich auf solche Situationen freut, hat einen, äh, freut, der hat auch ein Problem, und sollte diesen Job nicht mehr ausüben, ja, am liebsten will man das als Türsteher, will man einfach einen ruhigen Arm, man will seine Zeit absitzen, oder abstehen, und dann Geld bekommen, und dann nach Hause, unversehrt nach Hause, kein Mensch hat Bock drauf, dann attackiert zu werden, aber man geht auf jeden Fall runter, und, ähm, also, es gab dann Ärger wegen irgendwas, keine Ahnung, kam eine Bardame hochgelaufen, und hat gesagt, ja, hier macht ein Typ Ärger, hier macht ein Typ Ärger, so, okay, erst mal ganz entspannt, Tür zu, ja, man geht schnell, ein Schritt ist so hin, sie zeigt so auf den, und dann stehen da so, so 5, 6, äh, 5, 6 Leute rum, und dann gehst du so hin, und dann zeigt sie so auf den, und sagt so, ja, der, und, ähm, und dann gehst du so hin, und sagst, ja, was ist das Problem, und sagst, ja, was willst du denn jetzt, und sagst so, fahr mal runter, Digga, was ist los, komm mal mit, ja, und dann versuchst du den so ein bisschen so am Ärmel zu nehmen, ist auch wieder riesen Drama, fass mich nicht an, Alter, meine, meine 45 Euro Yakuza-Jacke, fass dich nicht an, oder so, ja, musst du schon Engels Geduld haben, musst du schon Engels Geduld haben, ziehst den so ein bisschen beiseite, das Phänomen, was dann ist, wenn du den, den, auf den der gezeigt worden ist, beiseite nimmst, kommen seine 7 Kumpels mit, kommen die 5 Weiber mit, alle stehen da rum, ja, alle labern dann, wieso er, der hat nichts gemacht, der ist unschuldig, was wollt ihr jetzt von ihm, und so weiter, und er dann so, ja, was willst du jetzt, und ich sag, ja, pass auf, hier wurde gesagt, an der Bar, du bist zu laut, du bedrängst hier irgendwelche Leute, und, und bist, bist aggressiv, Digga, das geht nicht, weißt du, ja, ich komm hierher seit 2 Jahren, und die typischen Sprüche, weißt du nicht, wer ich bin, ich hab auch mal als Kind Karate gemacht, und so, alles mögliche, kommt da querbeet, du versuchst wirklich noch zu deeskalieren, soll jetzt nicht so klingen, als wenn wir da drin geschult waren, aber keinen Bock drauf, und sagst, pass auf, das geht nicht, die sind alle gut zum Feiern da, und so weiter, ist auch laut, und dann musst du ja auch immer so, hast du mich verstanden, oder was, weißt du, in sein Ohr, und dann, ja, ja, so weißt du, so hier, scheiß auf dich, und so weiter, und dann kam noch der Betreiber dahin, und dann labert, dann labert der Gast, labert dann mir Betreiber vor, äh, ich weiß gar nicht, wie ich den, ja, Camp David, so hab ich den genannt, den Camp David Betreiber, der dann sagt, ich komm hier seit 2 Jahren her, ich bin hier mal ein guter Gast, ich geb hier viel Geld aus, plus hat sich so auf, der Betreiber sagt dann, ja, nee, ist gut, wenn er sich jetzt benimmt, dann ist gut, wir beide stehen da und sagen, sicher, nach unserer Meinung müsst ihr rausfliegen, alle, mit der Einstellung, mit der Grundstimmung hier, mit dem aggressiven Verhalten, wird heute nicht hinhauen, bist du natürlich auch schon mal Feindbild, weil du sagst, und der Betreiber sagt, nein, lass den mal, ist alles gut, und so weiter, und wir so, nee, ist nichts gut, ist sein Laden, ist halt so, haben wir auch einen Fehler gemacht, dass wir uns nicht durchgesetzt haben, und den rausgeschmissen haben, gehst wieder nach oben, setzt dich hin, regst dich auf über den Typen, machst wieder die Klappe auf, der eine stellt sich in die Tür, kassierst wieder ab, Leute, rein, raus, was ja sowieso nervt, die Leute immer rein, raus, kann ich mal kurz raus, ich will mal meine Jacke holen, ich will mir Zigaretten holen, ich brauche, ich brauche was, weiß ich, was die brauchen, und Drogen im Auto ziehen, rein, raus, das nervt so an der Tür, so dermaßen, ja, ich will mal gucken, wo mein Freund ist, ist der mit einer anderen Perle raus, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wer dein, ich wollte, dein Superfreund ist, keine Ahnung, nervt wie Sau, setz dich hin, und du hast es eigentlich schon im Gefühl, dass genau der Typ und genau die Gruppe dann Ärger machen wird, ja, und es hat bestimmt, es hat keine halbe Stunde gedauert, gab es ein, gab es ein Tumult und kam die Barfrau nach oben und hat gesagt, ja, die schlagen sich unten auf der Treppe, so, dann läufst du aber wirklich los, ähm, reißt nur das Ding runter, Tom vergeschnappt, der andere hat die Taschenlampe geschnappt und dann sind wir losgelaufen Richtung Treppe und dann gab es so ein, das, das, das ist wie so eine Menschentraube und der eine versucht über den anderen so rüber zu boxen und, ähm, schreien sich da an, einige sagen, ja, da müsst ihr was machen, die anderen schieben dich dann da so hin, ist dann so eine Menschentraube von, was weiß ich, sieben, acht, neun Leuten. Innerhalb dieser Gruppe haben die sich dann dann noch in die Haare bekommen, genau den, den wir vorher rausschmeißen wollten, macht dann da so einen Harten und dann kommst du als Türsteher dazu und dann passiert nämlich das, was ganz oft passiert, dann ist die Gruppe sich einig, dass die Türsteher die Bösen sind, die vorher dich rausschmeißen wollten, und so weiter. Und dann war es so, dass, äh, mein, mein Türsteherkollege ist dann so und die Traube so rein, hat dann versucht, den einen rauszuschmeißen und dann haben wir gemerkt, dass wir jetzt auf einmal das Ziel werden, ja, und dann wird das befeuert von den, von den Frauen, die drumherum sind und das sage ich ganz oft, gibt es ganz, ganz viele Frauen, die diese Situation befeuern, die dann sagen, lasst dir das nicht gefallen, äh, ja, nun schlag ihn oder, oder wir lassen uns die nicht rausschmeißen, scheiß, für wen haltet ihr euch und die dann wirklich ihre Männer so dermaßen befeuern und die dann so, ja, ich will jetzt mal so nochmal so ein Klischee malen, ja, wenn sie jetzt nicht so, äh, die Marken, die ich vorhin genannt habe, anhaben oder so, dann so ein, so ein hautenges, Levis T-Shirt und so weiter und dann machen sie sich, pumpen sie sich auch auf und dann kann man jetzt natürlich sagen, jetzt könnte man hier, äh, Kampfsport rausholen und alle im Roundhouse-Kick irgendwie sieben, acht Leute wegballern und so weiter, hat mit der Realität nicht viel zu tun auf so einer engen Treppe. Alkohol, die haben auch, die haben teilweise, äh, Flaschen in der Hand gehabt, in dem Laden gab es Flaschen, ja, was unverantwortlich ist in, in so Diskotheken und so weiter, weil alles zur Waffe eingesetzt werden kann, es werden ja auch Aschenbecher genommen und so weiter, alles was Porzellan ist oder Glas ist in solchen Läden mega gefährlich, ist eine Riesenbedrohung immer für Türsteher und dann wird so eine, so eine, so eine Gruppe draus gebildet und auf einmal haben wir gemerkt, dass wir zurückgedrängt werden, wir waren ja nur zu zweit und die mit 6, 7, dann fühlte sich auch auf einmal ganz groß und dann haben wir gesagt, und dann kam die Drohung und dann haben sie nach uns getreten, geschlagen, wir im Rückwärtsgang, im Rückwärtsgang und dann habe ich gesehen, wie sie auf, auf meinen Kollegen einschlagen, habe ich den Topfer genommen und habe dem Haupttypen, dem Haupttypen, den wir vorher schon rausschmeißen wollten, hatten sie ihn zu Boden, hatten sie ihn so langsam zu Boden gedrängt und dann standen sie und haben auf ihn eingeschlagen, habe ich den Topfer genommen und habe ihn mit dem Topfer, habe ich den Topfer komplett durchs Gesicht gezogen, einmal hier querbeet, genau Auge, Nase, einmal durchs Gesicht gezogen, da sind sofort, wie beim Schalter, sind die Lichter ausgegangen, zack, zu Boden, aus der Nase, da kommt ein Schwall Blut raus, da bricht Panik aus, das kann ich euch sagen, da bricht Panik aus, mein Kollege hatte auch geblutet, die anderen immer weiter auf uns eingeschlagen, meine Reaktion war halt, die als Gewalttäter, dass ich erst über Gewalt nachgedacht habe, wir hätten flüchten können, wir hätten Polizei rufen können und so weiter, aber in gewissen Situationen ist das Handeln nicht mehr rational, du kommst nicht ins Denken nach und so weiter und die Einzige, was ich gelernt hatte in meiner Vergangenheit ist, Gewalt mit der härteren Gewalt zu bekämpfen und die Situation ging dann natürlich richtig rund, ja, immer mehr Leute sind drumherum, die Gruppe von ihm hat sich um den Typen gekümmert, der ist dann, wir sind so im Rückwärtsgang, ich habe meinen Kollegen wieder sozusagen hoch und wir sind im Rückwärtsgang, dann die Treppe wieder hoch zu unserem Kabuff und haben uns dann vorbereitet, haben auch übers Handy uns Verstärkung gerufen, die haben gesagt, ja, wir brauchen 30, 40 Minuten aus Wismar dann dahin, keine Ahnung und der Typ kam auf jeden Fall wieder zur Besinnung und das Erste, wo der wieder zur Besinnung gekommen ist, haben seine Kumpels, die dann auf einmal runtergefahren sind, wo die gesehen haben, wie wir mit Gewalt reagieren, das Erste, was die gemacht haben, was meint ihr, was ist das Erste, was die gemacht haben? Schreibt mal in die Kommentare, was meint ihr, was hat er als Erstes gemacht? Seine Perle und er, der mit dem Gesichtsbruch und mit dem Tomfer durchs Gesicht? Ja, genau. Sie haben die Polizei gerufen. Sie haben die Polizei gerufen. Scheiße. Und wir dann auch die Polizei gerufen und haben gesagt, wir wurden hier gerade angegriffen von der Gruppe 7, 8 Leute und die Polizei hat gesagt, ja, wir haben schon einen Anruf bekommen zum Rahmen, sind zwei Einsatzwagen unterwegs. Ich scheiße. Ich, Bewährung bis, bis, bis unter das Dach. Scheiße. Was machen wir? Was haben wir auf jeden Fall noch gemacht? Nachdem wir uns wieder oben ein bisschen gesammelt hatten, sind wir runter und haben die wirklich noch aus dem Laden geschmissen. Der Typ war wieder bei Bewusstsein, hatte natürlich im Gesicht zerdepperte Nase, Zähne, war alles in Ordnung, aber hatte natürlich so ein knallrotes, so ein knallrotes T-Shirt. Rausgezogen, die alte am Kratzen und so weiter und die anderen. Und dann gibt es aber auch noch drei, vier Leute von denen, die dann sagen, wir wollen jetzt hier weiterfeiern. Wir, die vor den Laden geschmissen, im Laden hat er sich noch so halb rausziehen lassen mit seinem Gesicht. Kaum war der vor der Tür mit seinen vier, fünf Kumpels, was haben sie dann gemacht? Was haben sie dann gemacht? Kommentiert nochmal. Was haben sie gemacht? Haben die wieder angegriffen? Haben die wieder angegriffen? Ich weiß doch, dass einer von denen mein Spiegel vom Auto runtergetreten hat und dann haben wir die Tür zugemacht und haben die immer gegen die Tür gegengeschlagen und gesagt, ja, wir haben uns angerufen, gleich kommen unsere ganzen Kumpels und machen euch platt, wir stechen euch ab, wir holen jetzt Waffen. Richtig einen Harten gemacht und immer wieder den Laden angegriffen. Immer wieder den Laden angegriffen, angegriffen und wir waren so pappen, ich kann euch sagen, wir haben so abgekotzt und drinnen, ich wusste gleich, kommt Polizei, Tonfer, Gesicht kaputt, angegriffen, kannst du wieder nicht beweisen, wir dürfen gar nicht an der Tür stehen. Schöne Scheiße und diesmal sage ich es richtig, ich höre eine Sirene und sehe Blaulicht und wie das weiterging, erzähle ich euch im nächsten Teil. Leute, vielen lieben Dank für euren Support, werdet gerne Kanalmitglied, dass ihr diesen ganzen Kanal mitstützt, unsere Interviews, wir wollen ganz viel unterwegs sein, bauen YouTube-Studio um und so weiter. Dürft ihr auch bei Patreon Mitglied werden, ihr kriegt Bilder, Videos, Dokumente und immer was zum Schmunzeln, auch ernsthafte Dokumente und so weiter. Ihr dürft das Buch gerne mal auschecken, Hass macht Gewalt. Der Verein hinter diesem Projekt extrem misslos an die Gewalt und der Radikalisierungsarbeit, ihr könnt auch meine Homepage auschecken, philipp-schlaffer.de King unter den Kongs gibt es auch alles, ihr könnt alles mögliche, ansonsten könnt ihr diese Serie auch kostenlos konsumieren, Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert gerne, teilt das Video gerne, helft dieses Projekt größer zu machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste. Moin Leute, da melde ich mich mit dem 17. Teil Multikriminell. Ja, ich habe ein bisschen auf mich warten lassen, ist gerade viel zu tun, Privat, Umbau, Einschulung, Jordan-Familie, Sommer, naja, checkt es aus, wir sind auf jeden Fall täglich fast live bei Twitch, findet ihr unter Philipp Schlaffer, Instagram Philipp Schlaffer und auch auf dem Privatkanal, wo auch Marisa und Jordan dabei sind, checkt das mal aus, auch Philipp Schlaffer bei YouTube, ist auch alles hier unten beschrieben. Also, letzter Teil ist, wenn wir stehen geblieben, an der Tür, Arbeit, wir sind zu zweit, Laden ist voll, immer wieder natürlich auf dem Dorf, genauso Stress. Die Leute kommen oft und sagen natürlich so, in der Stadt ist das anders wie auf dem Dorf und so weiter. Na klar, es ist ein unterschiedliches Klientel, aber unterschätzt das nicht, was auf dem Dorf, was für eine Gewaltdynamik da sind. Alle kennen sich, ja. Und wenn man den ganzen Tag über irgendwie so einen Treckerreifen, der irgendwie 300 Kilo wechselt, dann irgendwie so alleine raushebt und wieder ranhebt und so weiter. Da wachsen ein paar Naturmuskeln, die kannst du mit so einem, ja, Unterarme, Unterarme, wie ich Oberschenkel habe, ja, alleine durch die Arbeit, das ist eine andere Kraft, als wenn man sich das antrainiert und ein paar wassergefüllte Handeln im Fitnessstudio stemmt. Das sage ich euch mal. Natürlich ist, glaube ich, die Gruppendynamik in der Stadt anders. Das könnte aber jemand gerne mal berichten, der in der Großstadt lange an der Tür war. Das würde mich mal sehr interessieren. Wahrscheinlich mehr Waffen im Einsatz, aber hier hält das Dorf irgendwie so zusammen und ist auch eine harte Arbeit, kann ich auch sagen, auch eine gefährliche Arbeit. Also, ist auf jeden Fall jetzt so, es gab den Stress, der Tomfer kam zum Einsatz, habe ich erzählt, quer durchs Gesicht gezogen, die Bullen sind im Anmarsch und so weiter. Ich wusste, dass, okay, scheiße, ich habe Bewährung bis unter das Dach, hier steht jetzt die Verhältnismäßigkeit, Tomfer einsetzen, ja, nein, kann man hier gerne unter dem Video darüber diskutieren, aber ich muss dazu mal sagen, wir haben versucht zu deeskalieren und ich war zu dem Zeitpunkt der Deeskalation noch nicht gut, deswegen stellt man so Leute, wie ich es damals war oder meine Jungs, stellt man auch nicht an die Tür. Das ist einfach so, ja, man hat, oder war bedeutend, professionellere Leute und die Security-Firmen müssen heute auch mit der Polizei jetzt zusammenarbeiten, man hätte auch die Polizei vorsorglich schon mal rufen können und so weiter, aber es stand damals halt nicht zur Debatte, ja, das war auch das Ego so, ja, wie kannst du herkommen, wie ist denn hier die Türsteher, weißt du nicht, wer wir sind und so weiter, ja, die Frage zurück, die ich an der Tür ja so gehasst habe und, ähm, ja, sind vor der Tür, ähm, dem Typen, der den Topfer bekommen hat, der hat natürlich einmal quer, quer durch, äh, alles rot, viel Gewalt, die drehen draußen auch noch durch, versuchen immer wieder, den Laden zu stürmen, ich höre dann die Polizeisirenen und, äh, sehe Blaulicht und denke mir, scheiße, klar, abhauen ist nicht, die Leute kennen mich auch, wir haben den Kontakt, wir haben die, ähm, die habe ich ja mal für die Kanalmitglieder gepostet, die Visitenkarte, da waren Aufkleber dran, Wismaria, Wisma, das ist keine große Ermittlungskunst, der Polizei das dann rauszukriegen und so weiter, ähm, und dann ist es natürlich jetzt erstmal so, wie der Ablauf dann so ist, wir im Laden drin, Tür zugemacht, ähm, auch wir als Türsteher kriegen viel Zuspruch, so von den Leuten und sagen, ja, die machen immer Ärger, das war genau richtig, die hatten keine andere Möglichkeit und so weiter, zählt aber erstmal nicht viel, ja, nur weil so die Leute dann sich, dann sagen, ja, es hat genau den Richtigen getroffen und so weiter, wie gesagt, Recht wird gesprochen bei einem Gericht von einem Richter, ähm, der dann, der, der oder die dann darüber urteilt, ähm, genau, also erstmal scheißegal, was dann so in dem Laden gesagt wird. und wir sehen, die ankommen, kommen so, äh, zwei, zwei Streifenwagen an, vier Polizisten, gleich, ähm, RTW im Schlepptau, im Rettungswagen, die den dann verarzt, der wollte sich da noch nicht verarzten lassen, ja, der geht dann auch so gegen Rettungskräfte gegen, was dann auch immer wieder, ähm, ein großes Thema ist, wie mit Rettungskräften umgegangen wird, aber man ist voll mit, ähm, also das Opfer, der vorher Täter war, jetzt Opfer ist, der ist voll mit Adrenalin, der fühlt sich ungerecht, ich wurde meiner Männlichkeit gekränkt, ich, das lasse ich mir nicht bieten, ich muss da jetzt rein, ich muss jetzt eine Mikrowelle zerstören und seinen Hamster entführen und einen Bleistift durchbrechen und so weiter, also, da wird aus den vollen Geschöpften, und da kommt natürlich so jemand vom, vom Rettungsdienst und sagt so, passen Sie auf, wir wollen erstmal nur Ihre Wunden verarzen und so weiter, und dann kommt auch die so, ja, fass mich nicht an und so weiter, brauche ich nicht, und ich glaube, was die Jungs durchmachen und Mädels, ist auch immer nicht ganz so einfach, darf sich auch gerne hier gemeldet werden, wenn jemand da mal Lust zu erzählen hat, was er so im Rettungsdienst erlebt hat, auch besonders bei diesen Situationen, wer da mal was erlebt hat. Auf jeden Fall sind wir jetzt so, Polizei kommt an, geht natürlich erstmal hin und kommt, äh, Gruppen auseinander, auch irgendwelche, müssen dann auch so auftreten und, äh, besonders dann auch die, die Freundinnen und Situierte kommen und sagen, ah, die Türsteher sind hier völlig freigedreht, wir haben hier gar nichts gemacht, die Polizei sagt, so stellen Sie sich erstmal da hin, ruhig, und Sie beruhigen sich auch, und Sie beruhigen sich, trennen Sie sich mal und Sie gehen Sie hier, welche Rolle spielen Sie hier, gar keine, dann hauen Sie ab. Ja, das macht die Polizei so, die kommt da sehr laut, sehr, sehr dominant, so soll die sich zumindest machen, so hab ich die Erfahrung, ja, erst mit Leuten auszututieren, hast du hier irgendwas mit zu tun? Nein, sammelst du nur Scheiße, Mann, dann verpiss dich, weißt du, also das ist so eine Sache, ähm, um erstmal einen Überblick zu schaffen, das, das unterschätzen Leute immer, wenn die Polizei dazukommt, die, die können nicht von Anfang an wissen, wer ist hier, wer ist hier Opfer, wer ist hier Täter, ja, wenn, wenn du blutbeschmiert, dann mit Messer auf die Polizei losläufst, können die nicht wissen, ob du das Messer aufgehoben hast, weil du selber damit angegriffen worden bist, die Polizei denkt, du greifst die Polizei damit an, also, das muss man immer wieder mal sagen, dass Leute das absolut vergessen, ähm, dass wenn die neu dazukommen, dass man das überhaupt nicht einschätzen kann, und das ist dann auch, sehr, sehr schwierig. Auf jeden Fall, die kamen jetzt an, und wir haben natürlich rausgeluschert, ja, ich hab mir Sorgen gemacht ums Auto, dass sie dann, äh, einmal komplett rumkratzen und so weiter, für das bisschen Geld, was wir da verdienen, haben wir euch gesagt, schöne Scheiße, da weißt du, und dann ist es ja auch immer, na klar, teilen wir uns alle, und die Firma alle liegen zusammen und so weiter, ja, komm, so, und, ähm, dann werden die natürlich draußen erstmal, dann siehst du das schon, wie sie von draußen immer so auf die Tür zeigen, auf die Tür zeigen und so weiter, ne, und ich hab so gesagt, ich hab so, äh, ein junger Kollege war ja, äh, äh, von mir mit, und, äh, ich sag sie so, mach du das erstmal, ich sag, ich sag, ich bring erstmal, ich bring erstmal den Tomfer weg, ja, da arbeitete damals noch eine, äh, ein junges Mädel da, mit der waren wir ganz gut befreundet, wirklich nur befreundet, bevor jetzt hier irgendwelche Gerüchte losgehen, und die dann gesagt hat, gib mir das Ding, ich entsorg das Ding, das finden die nie, das, äh, Tomfer mitgegeben, das war natürlich so in der, äh, in der Vorsorge als Gewalttäter, ja, erstmal, wenn die Waffe nicht gefunden wird, ist erstmal immer schwierig, muss man beweisen, wer hat den Tomfer wirklich gesehen, hä, wer hatte den, so ein Tumult in der Disco, einer und so weiter, dann geht das so alles quer B, so ein bisschen, äh, Halligalli durcheinander, und, ähm, hab ich gesagt, mach du das mal, wenn die Bullen gleich klopfen, dann lass die rein und so weiter, und ich, ich sag, ich, ich haue erstmal, ich haue erstmal ab zur Seite, hab ich mich so in das Kabuff gesetzt, so in meinen Drehstuhl, und hab gedacht, ja gut, vielleicht nehmen sie Personalien erstmal nicht auf, und jetzt fängt der Moment an, und das kennen alle Gewalttäter, und alle Kriminellen kennen das hier, und kommentiert hier einfach mal, kommentiert hier mal drunter, ja, Hashtag kenn ich, ähm, jetzt geht der Apparat im Kopf schon los, und das ist ja das, was immer diese ganzen Gangster, oder vielen Möchtegern Gangster, und so weiter, nicht erzählen, jetzt geht's Kopfgeficke los, jetzt geht's Kopfgeficke los, scheiße, okay, die Bullen kommen, werde ich jetzt mitgenommen, kommen die morgen, gibt's eine Haussichtssuchung, wenn verfahren ist, was mit Bewährung, parallel, wen kann ich als Zeuge, wen habt ihr als Zeuge, gibt's hier Kamera ab, hat jemand ein Handyvideo gemacht, hat jemand Fotos gemacht, scheiße, was ist, wenn die mir nicht glauben, was ist, was ist, wenn er schwere Verletzungen hat, welches Schmerz den Geld gibt, das kann ich so noch abrattern, aus meinem, aus meinem Kopf, ohne dass ich drüber nachdenken muss, das ist so tief reingespeichert, dass genau direkt nach der Gewalttat, kommt das einem im Sinn, und sagt, und das ist ja das, diese Strafe ist schon Teil der Strafe der Gewalttat, ich weiß, das, das wiegt das nicht auf, was mir Opfer angetan hat, wobei hier muss ich jetzt sagen, in der Situation, die haben angegriffen, über die Verhältnismäßigkeit, kann man hier gerne in den Kommentaren streiten, aber da rattert dieser Apparat im Kopf los, dass man so sagt, scheiße, 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 was passiert jetzt, die Konsequenzen, 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 und das ist das, was sich auch jungen Leute versuchen mitzugeben, die Konsequenzen, die Tat dauert wenige Sekunden und so weiter, ich habe Leute erlebt, die haben geschossen, und die haben es schon bereut, wo die Kugel aus dem Lauf war, und die Kugel huscht nicht zurück in den Lauf, es gibt keine Zeitmaschine, in der man die Kugel wieder reinstopfen kann, und so weiter, das ist das danach, das Ungewisse, was passiert danach, auf jeden Fall, ich in den Drehstuhl, man versucht dann relativ, Puls runter, Puls runter, gar nicht so auffällig für die Polizei, man ist ja der, der noch durchsieht, ich muss das immer wieder natürlich sagen, ob ich da durchgesehen habe, zu der Zeit, was mein psychologisches Programm da im Kopf ausgesagt hat, weiß ich nicht, aber war mit Sicherheit nicht ein stabil laufendes Programm, eher so Windows, DOS damals noch. Polizei befragt sich draußen, Riesen-Towu-Abu, und kommen dann ja auch langsam rein, und sagen so, ja, hier ist eine Anzeige erstattet worden, und dann als Gegenreaktion, wir wollen auch die Anzeige erstatten, haben natürlich den Ladenbetreiber rangeholt, der sagt, ja, wir kennen den, der hat ja eigentlich auch schon Hausverbot, aber dann ist der doch reingekommen, habe ich vergessen, an die Tür zu kommunizieren, und so weiter, der macht hier immer, weil wir jetzt erstatten auch Anzeige, wegen Hausfriedensbruch, und auch, wir wurden auch angegriffen, auch Anzeige erstatten, und die Polizei, ja, ja, kennen wir alles. Das ist, glaube ich, für die so, ja, können wir nicht mehr hören, werden wir nachher sowieso, das wird sowieso in ein Verfahren geproppt, die Leute glauben dann sowieso immer, wenn du eine Anzeige machst, und die machen eine Anzeige, und XY, und Frau Meier macht auch noch eine Anzeige, dass das dann alles sechs separate Verhandlungen sind, nee, das geht zu einem Gerichtsverfahren, da wird dann alles zusammengeschoben, dann werden wir mal gucken, was hier an diesem Abend los war, wer hier welche Strafe bekommen sollte, wer hier welche Tat begangen, und wer hier wie unschuldig ist, oder einen Freispruch verdient, oder eine Einstellung verdient. Kommen auf jeden Fall rein, sprechen mit meinem jungen Kollegen, der erzählt die Situation, angegriffen, und so weiter, ja, die draußen sagen, Schlagstock war im Spiel, sagst du, nee, war kein Schlagstock im Spiel, die sind keine Schlagstock, können Sie gerne mal gucken, hier ist unser Material, hier ist eine Taschenlampe, wurde mit der Taschenlampe zugeschlagen, nee, aber die hatten wir mitunter, vielleicht kann der ja die ins Gesicht bekommen haben, weil die haben mich angegriffen, ich habe mir mein Gesicht zugehalten, dann mit der Taschenlampe so, da fängt man schon so, das ist denen aber erstmal egal, die nehmen nur so eine grobe Aufnahme, ja, das ist ja nicht so, dass man da hinsitzt und die haben irgendwie in ihrem Polizeirucksack irgendwie so eine alte IBM Schreibmaschine, dann, also heute ist ja noch, es wundert mich manchmal, wie einige noch Schreibmaschinen da schreiben, also ich glaube mittlerweile ist aber alles digitalisiert, aber ich hatte noch Zeiten, wirklich da war das so, das ist Schreibmaschine und dann lässt du ihn tippen und sagst, ah nee, das war doch ein bisschen anders, das ist ja nicht so, 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 na gut, okay, und also das wird so grob aufgenommen, das wird nachher der Akte auch beigefügt, die Notizen, die an den Abend gemacht worden sind, was die Leute so gesagt haben, war okay, Taschenlampe war noch jetzt nicht so mega interessiert, ja, und das ist dann auch so, weil der Typ selber draußen so aggressiv war und gesagt hat immer wieder und dann, scheiß Bullen, fass mich nicht an und so weiter und, ja, das, weißt du, da fühlt sich dann jeder Polizist wahrscheinlich auch angegriffen, mag ja der ein oder andere Polizist, ich weiß ja, ich freue mich immer, wenn ich angeschrieben werde bei Instagram oder so, ich behandle das ja auch immer anonym, die dann natürlich auch demotiviert sind, weißt du, wenn du draußen sagst, okay, ich will eine Anzeige machen und der sagt dann im gleichen Abendzug, sagt der ACAB, muss man sich überlegen, ja, muss man sich dann überlegen, inwiefern dann die Polizei da auch mal Bock drauf hat, klar, muss man das aus professioneller Sicht sehen, losgelöst von der Person, aber auch in der Uniform steckt nur ein Mensch. Ja, auf jeden Fall hatte ich mir jetzt einen Schlagplan hingelegt und dann sagten sie ja und ihr Kollege und ich komme so raus, ich so, ja, moin und dann hätte das natürlich gut sein können, dass irgendein Polizist mich kennt oder so, das ist nicht, weil ich mich jetzt so wichtig mache, aber wir hatten da schon ein bisschen Öffentlichkeit und so weiter, besonders natürlich durch die Kameradschaft Wehrwolf, aber das waren jetzt wirklich, das waren jetzt, äh, Polizisten aus dem Bereich Landkreis Bad Doberan, ist das glaube ich, hatte mich jemand ja hier korrigiert, ja, nicht jeder interessiert sich dann für Internet oder für das, was im Rechtsextremismusmilieu abläuft und so weiter, also war das für die relativ egal. Dann gab es ja diesen Saal, also der war nochmal losgelöst von der Disco, das lief natürlich alles erstmal weiter, wurde runtergefahren, aber die Polizei dann Platzverweise für die, die draußen Lauten gemacht haben, gesagt, für sie ist der Abend zu Ende, ciao, 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 kakao, alle weg. Und, ähm, dann wurde ich so den Tanzdachl mitgenommen und dann sagte er so, ja, ihre Personalien erstmal so, ich hab meinen Personalausweis nicht mit und dann hab ich, dann, dann hab ich instinktiv, hab ich, ähm, hab ich Thomanns Daten angegeben, weil von Thomann, die Daten hab ich heute noch im Kopf, also ich weiß heute noch, dass der auch am 14.11. Geburtstag hat, ähm, genau wie Marisa, oh, okay, also, und, und hab mir gedacht, scheiße, äh, Thomann hat keine Vorstrafen, werde ich ihm morgen sagen, dass falls was da kommt, dann können die Leute ja sowieso nicht identifizieren, dann hab ich mich hingesetzt, hochgepokert, ich wusste natürlich seine Straße, ich hatte seine Handynummer, äh, im Kopf, ich hatte sein Geburtsdatum im Kopf, ich wusste, wo er vorher gewohnt ist, ich wusste über seine Eltern, ich wusste einfach alle Daten, wenn die Polizei irgendwie, weil sie sagten so, ja, haben sie irgendein Dokument, um sich auszuweisen, ich sag, nee, ich bin ja mit meinem Kollegen hergefahren, wenn ich an die Tür fahr, äh, ziehe ich nur meine, ziehe ich nur meine Arbeitsklamotten an, weil, falls irgendwie Action ist, so wie sie heute ja sehen, dann fällt das raus und dann haben die Leute die Daten und so weiter, deswegen nehm ich das mit, aber das kann ich ihnen ja morgen zukommen lassen oder, äh, sie können die Identität, ja, irgendwie feststellen lassen auf dem Polizeirevier oder so. Da hab ich hochgepokert und das ist das, wo Polizei auch oft einen Fehler macht. Ich habe, ich habe, ich bin mehrmals in meinem Leben durch, durch überzeugendes Auftreten oder bei überzeugendem Auftreten bei völliger Unwissenheit oder bei völliger Schuldigkeit, bei völliger, bei völliger Schuld, bei völliger Schuld, mit klarem Selbstbewusstsein gesagt, dann machen sie doch. Ja, dann fahren wir dahin, ist doch überhaupt kein Problem, klar, lassen sie uns los. Aber die haben ja jetzt auch keinen Bock drauf, die kommen da sowieso schon nachts irgendwann dahin, haben noch eine ganze Schicht vor sich, die wollen auch nur zu McDonalds oder Burger King sich auch mal ins Auto setzen und da einen Milchschick und einen Burger essen und haben dann jetzt keinen Bock mit mir dahin, keinen Bock mit mir dahin zu fahren, irgendwie 40 Kilometer Personalien abzuchecken und so weiter. Dann wird halt gefragt, sagen sie mal Geburtsdatum, Adresse und so weiter. Ihre Eltern, ich weiß, sein Vater hieß Peter, seine Muttersnacht habe ich jetzt vergessen und dann war das für die so Kontrolle, das ist so wie eine Abfrage hier so bei Vodafone so fast, ja, sagen sie mir noch mal ihr Geburtsdatum und ihre E-Mail-Adresse und schon bist du drin, ja, also ist jetzt nun nicht unbedingt Fort Knox da reinzukommen und ich habe das natürlich gemacht, weil ich wusste ja keine Vorschrafen, ist natürlich trotzdem eine scheiß Aktion, aber ich wollte einfach meinen Arsch retten, der Arsch ist näher als die Hose und habe dann auch dann so zu Protokollen gegeben, ich sage ja, ich würde lieber vorgeladen werden, aber erzählen Sie doch mal kurz, was hier los war, ich sage ja, gab Ärger, wir wurden zugerufen von der Bardame, ja, okay, die haben uns schon gefragt und ich sage ja, dann wurden wir angegriffen auf der Treppe, wir hatten unsere Taschenlampen mit, wir hatten so Medlides, hatten wir ja, okay, also so, dass sich das ein bisschen überschneidet, eine Sache ist halt auch immer, wo Polizei hellhörig wird, wenn so die Aussagen eins zu eins, geil ist so, wenn fünf Leute zu Gericht kommen und alle fünf, die identischen Wörter benutzen, Sätze benutzen und so weiter, da sagt jeder Staatsanwalt und jeder Richter sagt, ach Mensch, da haben sie ja toll getroffen beim Pizzaabend und Wein getrunken und da haben sie alle, haben sie sich alle den gleichen Satz auswendig gelernt, weil man benutzt dann, wenn man das so geübt hat, die Aussagen, dann benutzt man oft so die gleichen Wörter wie die anderen und jeder hat ja eine andere Sprache ein bisschen, also das ist, das bei Gericht dann immer schon sehr auffällt und dann habe ich so getan, als ich gar nicht wusste, dass er vorher mit der Medlides gesagt hat und auf der Treppe und dann erst mal sehr defensiv und so sagt so, klar ist man auch aufgeregt, wir haben auch Adrenalin und sagen so, ja, der greift uns an, wir sind hier da, um die Gäste zu schützen, so haben die rausgeschmissen und so weiter, ja, aber der ist ja verletzt und so weiter, da ein Arzt gehen und soll sich seine Nase richten, das hat er halt Pech gehabt, ne, aber ja, Polizei erstmal grundsätzlich, da kam uns das zugute, natürlich, dass so die Bardamen kamen und ein paar Gäste und haben bis dann zur Polizei und dann gesagt, ja, ich gebe mich hier als, ich gebe mich als Zeuge an, ich habe das alles gesehen, die wurden angegriffen und da war kein, so ein Schlagstock oder so, da wurde kein Tompfer gesagt, nee, war da alles nicht und das kam uns dann, das kam uns dann zugute, dass der Typ, der die Wunde hatte und seine Kompagnons, die da mit waren und die Perlen, dass die nicht einen absonderlich hohen Stand hatten, weil die immer Ärger gemacht hatten, aber das ist dann so eine Arbeit an der Tür, wo du dir, wo ich dann wochenlang drüber nachgedacht habe, okay, komm, jetzt noch eine Vorladung, komm, Tomann, kriegen die das raus, was ist, wenn Tomann vorgeladen wird und sie sagen, okay, oder der Polizei wird dann von unserem Club, von der Kameradschaft, wer, wo werden die Fotos hingelegt und so weiter und heißt, war das dieser Tomann oder gucken sich die anderen zwölf Mitglieder dieser Kameradschaft mal an, aber da war das alles noch nicht so verzahnt und das ist glaube ich heute auch noch so ein großes Problem bei der Polizei, dass gewisse Behörden, LKA, Kripo, was weiß ich, WKA, Staatsschutz, was weiß ich, wen es da so alles gibt, dass sie alle noch nicht miteinander verzahnt sind, ist leider oft ein großer Vorteil für Kriminelle und den ich dort auch so ausgenutzt habe. Ich muss dazu sagen, dass ich mich jetzt nicht unbedingt unschuldig fühlte, aber aus meiner damaligen Handlungsweise habe ich gedacht, er jetzt verdient, er macht einen Harten, wir werden angegriffen, dann gibt es halt einen auf den Nuss, Peng, so ist das. Ich weiß, das schreiben viele in die Kommentare, trotzdem heute könnte ich, heute erstens, hätte ich auch keinen Bock drauf, zweitens würde ich mich heute bepöbeln lassen und sagen, ja mach doch an der, weißt du, letztens hat, Michel Ruge, könnt ihr mal auschecken bei Facebook, hat letztens ein Video gepostet, wo drin stand, wenn er herausgefordert wird zum Kämpfen, dann sagt er und jemand sagt, Mensch, ich würde gerne 1-1 gegen dich kämpfen, dann hat er gesagt, stell dir einfach vor, du hast mich schon besiegt und dann hast du schon mal und dann erfreu dich an dem, ja, stell dir das einfach schon vor, du hast mich besiegt und dann hast du das, das fand ich ganz klasse und deswegen heute, aber aus damaliger Sicht fühle ich mich unschuldig, was macht der in Harten und so weiter, weil das ist so verdreht im Kopf, das wollte ich nur mal kurz loswerden. Ja, auf jeden Fall, Abend dann irgendwie zu Ende, für mich war klar, da am Raben ist für mich Ende, scheiß drauf, nicht für das Geld, kein Bock, da habe ich lieber, also da mache ich lieber was anderes, schlaf aus, hänge mit meiner neuen Freundin ab und mache mir einen schönen Abend, sollen die jungen Leute da hingehen, die sollen für uns in die Kasse greifen, sollen mir und Mike jeder einen Hunderter mitbringen und das andere, sollen die sich einstecken, scheiß drauf. Das war, ist auch rausgekommen, ich muss dazu sagen und das weiß ich nicht, wie das dann funktioniert, ob das gar nicht erst in die Ermittlungen geht oder so, er war ja auf jeden Fall Verletzer, weiß man auch nicht, ob das Opfer dann zur Polizei geht und weil der wird ja auch noch mal zu einer Befragung vorgeladen, da reicht ja nicht nur die Anzeige machen, sondern muss dann auch hin, vielleicht ist der da nicht hingegangen, auf jeden Fall ist nie eine Vorladung bei Thomann angekommen, es ist nie wieder was nachgekommen von dieser Sache, aber trotzdem und da spult jetzt mal zurück und dann geht man auf den Kopffick ein, von dem ich da erzählt habe. Zurück, zurück, Wismar, Standardgeschäfte laufen, Rotlichtmilieu läuft, Tattoo-Laden läuft, viel Langeweile, viel Pumpen, wir pumpen bei mir unten im Haus, haben wir in der Garage, haben wir ja eine Handelbank drin, Zugturm, Hanteln von, was sehe ich, 10 bis 30 Kilo hoch, kann man schon viel mit machen, ich weiß im Fitnessstudio, irgendein Spaghetti-Lauch greift, immer nach den 35er oder 40er, ein bisschen die auf die Füße fallen und so ein Zeh wächst nicht nach, habe ich mal gehört, ja, kann man schon ganz gut mit trainieren, für uns war es sowieso nur wichtig, das sage ich mal ganz ehrlich, Disco-Pumper, ja, ein bisschen Titte trainieren, Rücken, Bizeps, Beine, sieht man bei Instagram immer ja ganz gut, habe ich nicht trainiert, auf jeden Fall, was zog jetzt in meinem Leben ein, der Mike sagte immer, der Mike war schon ein starker Typ, der hatte schon sehr, sehr starke Übungen, er war besonders stark, war am Bankdrücken und so, und der hatte das jetzt in unser Leben gebracht mit Anabolika, Anabolika, mir selber wurde in meinem Leben sehr oft unterstellt, dass ich Anabolika konsumiert habe, das ist einfach, weil ich von der Physis her eher breit und fett bin, also ich war noch nie besonders dünn, ich war zwar im Gefängnis, wo ich trainiert habe, nachher im offenen Vollzug war ich so mal unter 100 Kilo, aber das war auch eine ganz kurze Phase, aber das wurde grundsätzlich unterstellt, und ich habe dann irgendwann in dieser Zeit, habe ich das erste Mal Testosteron, Trenbolon ausprobiert und so weiter, und was das mit mir gemacht hat, das möchte ich euch jetzt ein bisschen erzählen, also es war dann so, dass wir dann zusammen trainiert haben, wir hatten diese Garage unter dem Haus, ich habe da ein Bild auch gepostet, für die Kanalmitglieder und für die Leute, für die Paten bei Patreon, und da war die Garage, da hatten wir eine Handelbank drin, ein Zugturmhanteln, was so sehe ich, eine SZ-Hantel, ja, allen möglichen Klimbim, Sandsacking, wir hatten ein paar Pratzen, davor hatten wir ja so einen Rasen, und da haben wir dann meistens, also jeder hat dann Schlüssel von bekommen, da haben dann so 6, 7, 8 Leute trainiert, immer mal so ein Teams an die Wand, haben wir die Gewichte ran geschrieben, und so weiter, und da habe ich mich auch mal relativ schwer verletzt, deswegen alleine trainieren an der Bank, ich hatte eine Handelbank, wo du die Bank auch schräg machen konntest, und wenn du trainiert hast, und du hast ja dann die, du hast die Ablage, also die Stangen, wo du rausgehst, wo du die Stange nachher wieder reinhakst, und da habe ich alleine trainiert, und habe 100 Kilo Schrägbank gemacht, und da habe ich den letzten hochgedrückt, und wollte die Handel absetzen, aber dann war die, dann habe ich die aus Versehen oben drüber gehoben, und da konnte ich das nicht halten, Schultergelenk ausgekugelt, Handel fallen lassen, hinten, vorne, rüber, mir noch auf den Arm fallen lassen, Schulter komplett ausgekugelt, war jetzt gerade so in der Zeit, das war ein schöner Schmerz, wer das mal erlebt hat, so mit dieser Handel, die hinten rüber rutscht, Arm rausreißt, ist ein Spaß vom Feinsten, kann ich euch sagen, ich weiß noch, bin ich von der Handelbank hoch, habe auch wirklich, schön geschrien, das muss man sagen, und wusste nicht, wie ich den Arm wieder einkugeln sollte, der ist ausgekugelt, der ist nach ganz hinten gedreht, und du merkst richtig, wie das hier so pocht, und ich wusste nicht, was ich machen sollte, habe mich dann auf den Boden geschmissen, vor lauter Schmerzen, als ich mich auf den Boden geschmissen habe, ist der Arm wieder reingesprungen, seitdem habe ich eine kaputte Schulter, die ist danach auch nochmal, zweimal ausgekugelt, ist einfach ausgeleiert, ich bin jetzt kein Fachmediziner, oder so, ist ausgeleiert, ich musste dann auch Physiotherapie machen, und so weiter, bin ich aber immer nur zur Hälfte hingegangen, also wisst ihr schon, wie das gelaufen ist. Auf jeden Fall diese Verletzung, und Mike sagte dann so, ja Mensch, ich habe jetzt eine gute Quelle, in Rostock habe ich eine Quelle, da könnten wir ein bisschen Testosteron bekommen, und Trenbolon war da gerade so, Trenbolon ist glaube ich ein Bullenhormon, vom Rinderbullen, um Bullen groß zu züchten, oder stark zu züchten, ich habe mich damit überhaupt nicht beschäftigt, ich kannte mich damit überhaupt nicht aus, es waren für mich völlig böhmische Wälder, gar keine Ahnung, aber er sagte dann so, weißt du, ich hing da damals immer so fest, Bankdrücken war zu dem Zeitpunkt nicht so, meine Paradidisziplin, wenn ich mal 130, 135, 140 Natur gestemmt habe, und so, war ich schon ganz stolz, war schon ganz gut, ich war Rücken sehr gut, ich bin gut im Bizeps und so, und dann sagte er so, ah kein Ding, ein bisschen Testosteron, zweimal die Woche, was weiß ich, die Dosierung und so, ich kenne mich damit alles nicht aus, keine Ahnung, und ich kann es immer wieder nur sagen, Finger weg von dem Scheiß, Finger weg von dem Scheiß, egal was die anderen euch erzählen, und ich will euch auch sagen nachher warum, und dann dieses Bullenhormon, und dann heißt es ja immer, heißt es ja immer, ja, ich habe eine Quelle, nee, das ist nicht aus chinesischem Labor, das ist ein deutscher Apotheker, der das gemacht hat und so weiter, und da können wir das herkriegen, das ist für Spitzensport, das ist eine super Quelle, na klar sind das alles immer super Quellen, keine Ahnung, du kriegst das in irgend so Glasröhren, die aussehen, als wenn da alte Spülwasser abgefüllt worden ist, teilweise, und ja, es war komischerweise, bin ich sonst bei solchen Dingern echt eine Mimimi, ja, dass ich so alles so auch so, was mit Spritzen so angeht und so weiter, habe ich so keinen Bock drauf, aber auch hier ist wie eine sehr klassische Gruppendynamik entstanden, ja, auch der Tätowierer aus dem Laden wollte stärker werden, Tomann hat das abgelehnt, der wollte das nicht, zwei, drei der jungen Leute, dann sagte Mike, ach komm, lass machen, kriegst du einen richtigen Schub, alles wird, alles wird fester, du kriegst Wachstum, Schulter kommt raus, alles, hab ich gedacht, ob ich das brauche, ich brauche sowieso schon große Größe, ob ich das noch brauche, dass ich Hemden nur noch im Mr. Big Laden bekomme oder so, hatte ich gar nicht so Bock drauf, aber natürlich, irgendwie ausprobieren und gucken und vielleicht war ich auch nicht selbstbewusst genug, um zu sagen, wenn die alle, wir haben ja die Zahlen an die Wand geschrieben, uns gegenseitig einen Push zu geben. und ja, man will ja mehr trainieren als andere, stärker sein, stärker sein und jeder hat ja unterschiedliche Muskelpartien, wo er gut ist, schwächer ist und so weiter und dann hatte ich so irgendwie, glaube ich, kein Bock drauf, so an diesen Zahlen war ich immer relativ gut vorne mit, also ich war ja nicht immer der Beste, aber ich war schon, ich hatte so meine Paradedisziplin, wo ich dann immer schon vorweg war und dann nagte das wahrscheinlich so in meinem Gewissen, wo ich mir sagte so, nee, habe ich keinen Bock drauf, dass die alle mich so überholen, weißt du, jeder Hans schmeckt sich, überholt mich jetzt demnächst und nee, dann lege ich auch drauf, ja und das ist auch eine Sache, die mich im Internet sehr stört, auch ein paar Freunde von mir machen das und so, die das so verniedlichen so, ja, äh, da gab es ja auch mal diese so Hartgener Crew und die Stofftier und Stoffer und was weiß ich und so, finde ich richtig scheiße, finde ich richtig scheiße, ja, weil da viel zu wenig über die Sachen auch geredet wird, die da auch passieren können, die teilweise natürlich auch bei uns passiert sind. Ich weiß, was das erste Mal im Tattoo-Laden, dann werden die Spritzen ja besorgt, dann werden, dann werden, werden die Spritzen besorgt, äh, ganz normal in der Apotheke, werden die gekauft und dann haben wir unseren Tattoo-Laden getroffen und, äh, ich war da noch, ich war da noch ein bisschen unentschlossen, ja, mir, und dann, äh, war das schon, ich will jetzt mal sagen, relativ lustig, ihr müsst euch das vorstellen, stehen wir mit fünf Leuten irgendwie oben im Tattoo-Laden und dann so, ja, werden die Spritzen so aufgezogen und alle fühlen sich so irgendwie, weiß ich nicht, will ich das, ist das echt, ist das echt 1A-Material, ist das wirklich so und Mike sagt, ja, nee, klar, siehst du doch hier aufgedruckt, äh, Made in Germany, Made in West Germany wahrscheinlich noch oder so, ja, das ist schon komisch, sich sowas dann in den Körper zu spritzen, ja, ist schon merkwürdig genug so beim Arzt, ich meine, die Leute haben ja schon Angst heute vor einer Maske oder wenn eine Impfpflicht kommt, aber, ähm, ich kenne so viele Leute, die sich irgendwas aus irgendwelchen Laboren spritzen und dann bist du so oben irgendwie mit 5 Typen und dann werden die Spritzen so aufgeladen und, ähm, und dann so, mach mal Hose runter und dann, wie sehe ich Hose runter, ich dachte, es gibt den Oberarm, nee, wir machen den Arsch, ja, und dann stehen alle da so und dann so, ja, okay, und dann so irgendwie so Hose runter und, äh, ja, aber ich habe mich nicht vorgedrängelt, dass ich der Erste sein wollte, so war ich dann nicht, sondern ich habe mir das dann eingesehen, wie der Erste dann so und dann, äh, Mike hat das dann auch so gemacht und dann, äh, weiß ich nicht, hat er dann so desinfiziert, äh, weggemacht, irgendwie den Arsch geklopft, desinfiziert und dann Spritze rein und dann, oh, hast du gesehen bei ihm und ich so, oh nee, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob ich das finde. Standen wir da oben alle, auf jeden Fall haben wir alle die Spritze genommen und, ähm, das ging bei mir, ging eine Schnellfahrt los, eine Schnellfahrt vom Feinsten ging los, ähm, eine sehr, sehr üble Zeit, äh, was in dieser üblen Zeit passiert ist, wisst ihr was Leute, das erzähle ich euch beim nächsten Mal, lasst einen Daumen oben da, Daumen runter, kommentiert gerne, macht die Glocke an, damit ihr wisst, wenn es ein neues Video gibt, ihr dürft gerne den Kanal supporten für das neue YouTube Studio, werdet Kanalmitglied hier oben oder hier unten irgendwo, ihr dürft gerne Pate werden vom Kanal bei Patreon, King unter den Kongs, das Buch ist draußen, könnt ihr bestellen, das Buch Spiegel Bestseller, ähm, ist das, und, ähm, ja, der Verein dahinter ist Extremist Los, wer Lust hat, Mitglied zu werden bei Extremist Los, darf gerne auf die Homepage gehen, darf mich gerne anschreiben bei Instagram, Instagram Philipp Schlaffer, also, genug zu tun, was sie auschecken können und jetzt gibt es hier irgendwelche Links zu irgendwelchen neuen Videos und abonnieren und so weiter, Also, Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste. Moin Leute, da melde ich mich mit dem 18. Teil, Multikriminalität, Multikriminell, ja, äh, Anaboliker sind in mein Leben getreten, ich hab ja den, sozusagen, ich will nicht sagen den Absprung vom Rechtsextremismus geschafft, das war jetzt ja so eine Übergangsphase, ja, der Rassismus war noch da, aber jetzt zählte Geld, 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 Macht, Macht, Macht und, äh, dazu gehörte natürlich auch ein bedeutend, äh, oder ein anderes Gehabe kam dazu. Das, was wir im Rechtsextremismus mit, äh, Gruppe gemacht haben, Zugehörigkeit mit, auch T-Shirts und, äh, trotzdem ein bisschen Körperlichkeit, aber nicht so den Fokus darauf gelegt haben, war jetzt in der Multikriminalität, wo wir mit anderen Gangs zu tun hatten, Strukturen, Rockern und so weiter, gab es auch, äh, sozusagen diese optische Veränderung. Äh, zu diesem Zeitpunkt gab es natürlich auch bei uns einen sehr lustigen Kleidungsstil, also diese Bodybuilderhosen oder Adidas-Hosen den ganzen Tag, äh, Bauchtasche und oben, äh, Pro-Hate, äh, Jakuz, äh, sonst irgendwas, äh, Jacken und, äh, jetzt waren wir ja in dem Laden und, äh, der, der, der Mike, der hatte, der hatte eine, ja, Konecke bekommen. Er kam ja, er war ja aus dem Gefängnis erst eine gewisse Zeit raus und, äh, hatte ja schon zwei etwas längere Haftzeiten hinter sich und er ist dann auch immer wieder mal auf so ehemalige, auf so ehemalige getroffen, aber dazu kommen wir gleich. Jetzt sind wir ja noch in diesem Tattoo-Laden und vier von uns haben uns jetzt irgendwie entschieden, okay, probieren wir aus. Also, das ist, das ist, ist ja kein Zwang, das zu machen. Ich persönlich hätte mir das zudem, zum damaligen Zeitpunkt sehr gewünscht, dass alle, auch aus der Kameradschaft Wehrwolf oder die gerade diese Übergangsphase machen, multikriminell, die dann so angefangen hätten zu pumpen, ein bisschen was für sich zu tun, ähm, damit wir in der Stadt noch imposanter aussehen, damit die ganze Gruppe noch imposanter aussieht. Das reicht natürlich dann nicht immer, wenn man nur 20 Leute hat, davon sind drei etwas stabiler und die anderen nicht, dann scannen andere das auch so ab, ähm, aber gut, da hatten wir dann auch oftmals Glück. Wir waren jetzt auf jeden Fall im Tattoo-Laden, ich habe meine erste, meine erste Spritze dann in den Arsch bekommen. Fühlt sich irgendwie komisch an, dann da oben in dem Laden, äh, wir haben, wir haben auch die, wir haben auch die, Anabolika, also das Testosteron, das Trenbolon haben wir oben im Tattoo-Laden in einen Kühlschrank gelagert gehabt. Das, äh, das ist grundsätzlich jetzt, äh, ich selber hatte ja immer Hausdurchsuchungen, wenn das auch noch gefunden wird, kriegt man dann auch noch, was ist das, Verstoß gegen das Apotheken-Gesetz und, äh, oder, äh, weiß nicht, auch handeln mit illegalen Substanzen. Ich weiß nicht, kann ja jemand hier gerne mal drunter kommentieren. Im Tattoo-Laden könnte man immer sagen, ist nicht meins, ist nicht meins, da haben, äh, da arbeiten zwei Leute dann unten am Tresen, hier haben vier, fünf Leute Zugang, wer immer das da drin gelassen hat, keine Ahnung, beweisen Sie mir das. Hatten wir uns jetzt auch nicht so die Mega-Gedanken drüber gemacht und haben gesagt, ja, dann nimmt das halt irgendjemand auf sich, der jetzt nicht vorbestraft ist und so weiter, dann soll er halt die Strafe bezahlen, bezahlen wir das alle und legen alle dann zusammen. Ich kann mich gar nicht genau so dran erinnern, wie das Gefühl so war. Man denkt ja so, ich hatte ja so ein Gefühl so, okay, jetzt kriegt man so eine Spritze und dann, und dann ändert sich irgendwas. Ja, man kriegt die dann in den Puppes und dann, was dann? Läuft grün an und wird der High-Star oder so? Ja, ich, ich konnte das für mich so gar nicht so richtig erklären. Alle fühlten sich auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen komisch, also jetzt nicht körperlich, sondern so vom mentalen Zustand her und haben jetzt irgendwie erwartet, okay, was müssen wir jetzt machen? Ja, jetzt heißt es pumpen, pumpen, pumpen. Wir haben dann so ein bisschen, ich will nicht sagen Anleitungen bekommen, dafür war Mike, glaube ich, dann auch nicht so der Richtige, weil er ja auch sehr, sehr körperlich war und für mich, ich wollte ja nicht nur Wasser ziehen und irgendwie breiter und dicker werden, sondern ich wollte natürlich auch Kraft zulegen und alles ein bisschen festigen. Ich persönlich, ich muss dazu sagen, ich hatte keine Ahnung von dem, was ich da gespritzt bekommen habe. Ja, und es gibt es ja heutzutage im Internet viele, die das verniedlichen, ja, das kann man unter Aufsicht machen, das sicheres Zeug und so weiter. Ich halte das alles für Bullshit. Diesen Kram braucht kein Mensch, da wird auch ein Bild bei Instagram und was YouTube und sonst wo von gewissen Pumpern und so vermittelt, ja, dass das so ein Idealbild ist, wie man aussehen sollte oder wo man hinkommen kann und so weiter und die haben das alles unter Kontrolle. Ich persönlich halte davon gar nichts, damit das hier mal klargestellt wird. Punkt. Ich hatte also gar keine Ahnung, ich habe mir da nicht Gedanken gemacht dazu, muss ich jetzt andere Trainings planen, muss ich anders essen, muss ich anders Alkohol trinken oder sonst was, sondern habe einfach so drauf los gemacht. Jetzt war es klar, es gab auf jeden Fall Motivationsschub. Alle haben jetzt erwartet, ja, jetzt kann ich Bäume ausreißen, jetzt kann es richtig losgehen. Wir waren da sehr unterschiedlich. Wir waren ja zwei kräftige, die das gemacht haben und zwei eher sportliche, auch einen Hang zum etwas dünner sein, haben das gemacht und wir haben dann wirklich auch angefangen zu pumpen. Ich glaube, zweimal die Woche hatten wir uns an einem Tattoo-Laden verabredet, um uns diesen Scheiß gegenseitig in den Arsch per Nadel zu stechen. Das klingt irgendwie komisch, wenn man das irgendwie so sagt. Und ja, jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Training dann. Es ist so, dass glaube ich die Psyche dann das bei mir auch schon gemacht hat, dass ich gedacht habe, okay, ich muss jetzt stärker werden, ich bin jetzt stärker, ich bin jetzt, nach der Spritze, schon eine Woche danach, ich bin einfach stärker, alles will und das gibt glaube ich auch dann schon mal den ersten Push, dass man dann auf der Bank nicht 130 sich rauflegt, sondern sagt, komm, heute legen wir 135, 140 rauf, legt man runter, geht mit einer gewissen Wut runter, ja, die Wut beim Gewichtestemmen halte ich ja für sehr, sehr wichtig, also ich habe sehr wütend oft trainiert, dass man dann dementsprechend die Gewichte bewegen kann und dann gibt es auch diesen ersten Erfolg, dass man so eine Grenze, die man vorher hatte, dass man vorher die 135 nicht hochgedrückt hat oder so, und auf einmal, auf einmal geht das hoch und dann ist es natürlich für mich nicht nachvollziehbar, ist das jetzt dieses Testosteron, Trenbolon, diese Mischung daraus und, oder ist das jetzt die Wut und die Einbildung, dass ich einfach stärker bin, weil für den Körper das natürlich zu leisten ist, ich habe ja auch sehr, sehr lange schon trainiert gehabt, aber halt nie, nie irgendwie mit dem Ziel, gewisse Gewichte zu erreichen, sondern immer nur auf eine gewisse Stabilität, auf Masse, auf optische Masse zu gehen, ja, dicker Bizeps, groß, groß, breit, Rücken, Oberkörper und von daher war das gar nicht so wichtig für mich. Jetzt auf einmal kamen wir aber so in diesen Rhythmus rein, dass man sich so verglichen hat, ja, also die Gewichte, wer hat sich wie gesteigert, welche Prozente, wir hatten ja so an die Wand das herangeschrieben, die Paten und die Kanalmitglieder, die wissen das ja, in den Mitgliederbereichen, da ist dieses Bild von dieser Garage, wo dann die Zahlen so dran steht und da zieht man sich ja hoch, man will sich gegenseitig dann so pushen und so weiter. Ich selber habe natürlich einen Boost gemerkt, es wäre gelogen, wenn ich das, wenn ich sagen würde, den gab es nicht, man hat, was das, was bei mir als erstes sich natürlich verändert hat, ist, du gehst noch mal, du gehst noch mal prolliger und protziger, das kennen bestimmt einige Leute, die das nehmen, man ist noch mal, man geht noch unangenehmer, das ist mir ja sowieso, heute ist es mir bei gewissen Personen, die pumpen, ist es mir sehr unangenehm, wenn sie dann so diesen Gang so drauf haben, dieses langsame, behebige, ist es auch für einen Kampf, ist das mit Sicherheit kein Vorteil, aber das stand, das war für uns nicht so wichtig, wir haben noch versucht nebenbei immer wieder ja ein bisschen zu boxen, Boxsack, ein bisschen Pratzenarbeit und so weiter, aber die Luft wird natürlich immer weniger und ich habe auch, ich habe dann das, was ich ja eigentlich nicht wollte, dadurch habe ich noch mal, habe ich noch mal Wasser gezogen beziehungsweise, beziehungsweise Masse aufgebaut, ja, wenn du sowieso startest, irgendwie mit 120, 125 Kilo und fängst dir dann an, die Scheiße da rein zu spritzen, da habe ich noch mal Masse zugelegt, das ist ja das, was ich so gar nicht wollte, ja, äh, aber wen auch, wen auch fragen, das war alles so eine Zeit, so alles so einfach mal machen, stelle ich nicht so an und wir haben dann auch so versucht, immer wieder Leute, Leute dazu reinzureden, so das zu machen, ja, und zu sagen, komm, das wird dir auch gut tun, guck mal an, wie du aussiehst, totale Abwertung innerhalb der Gruppe, komm, das wird auch gut tun, dann weißt du, dann kommst du ein bisschen aus dem Knick und ja, wie soll ich das bezahlen, ach komm, nimmst von meiner Kuh erst mal was mit, komm und so weiter, also man versucht die Leute dann auch zu, dazu zu überreden, dass ganz ähnliche Dynamik, wie beim, wie beim Drogenkonsum oder beim Saufen oder so, ähm, habe ich ganz oft erlebt, dass besonders auch dann irgendwie, äh, Pumper, so Anfänger oder sonst was auch, versuchen zu überreden, zu machen oder das anzubieten, genauso haben wir das auch gemacht, weil ich wollte, dass alle möglichst dann breit und stabil aussehen und, äh, haben wir dann versucht, denen das auch sozusagen anzudrehen, sind aber nicht so viele drauf anges, äh, angesprungen, viele hatten da auch echt große Bedenken, auf jeden Fall bei mir war es, ähm, bei mir war es jetzt so, auch ich war damals mit der, mit der Anna zusammen, die war ich schon, in die war ich schon, schon verliebt, das war schon eine, eine Liebe und, äh, ja, bei jeder Liebe ist natürlich auch ein Auf und Ab, das, äh, ne, äh, man streitet sich, wie man sich liebt und, äh, hart, hart, intensiv und, äh, volle Kanne, ähm, das muss ich immer sagen, das war ohne Gewalt immer, aber die hatte auch schon eine Art und Weise, mich auf die Palme zu bringen, äh, und ich sie wahrscheinlich auf zwei Palmen hochzuschmeißen und ich fühlte mich sowieso zu dem damaligen Zeitpunkt ja immer unter Dauerstress, ja, also du hast die Polizei, du hast, äh, du hast, äh, du hast die anderen Gangs, du musst, du hast die Geschäfte laufen, das Geld muss reichen, du willst was Neues akquirieren, du hast mit tausend Leuten zu tun, du hast diese Paranoia im Kopf, du hast immer nochmal, äh, zwischendurch, wenn du Polizei siehst, also du bist sowieso irgendwie und in der Gruppe, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wir machen langsam den Wechsel zu den Rockers rüber und, ähm, du willst, dass die Leute funktionieren, also ich war sowieso dann schon cholerisch unterwegs und, ähm, ich bin jetzt nicht nach Hause gegangen und hab zu der Anna gesagt und hab zu der gesagt so, ja, äh, weißt du, ich probier jetzt mal einfach ein bisschen Testosteron, Trembolon aus, die spritzen wir uns im Arsch, im Laden und so weiter, das hab ich dann so nicht erzählt, ja, das war so, ist so mein Ding, geht dich ein Scheißdreck an, was ich mach, so ja, aus dieser Arroganzhaltung raus, mir sagt keiner was, das ist so, das ist auch ziemlich doll verbreitet, ich brauch mir von niemandem ein Okay holen, ich mach das einfach, was ich will und, ähm, hab das irgendwann nur beiläufig so erzählt. Natürlich war, äh, die positive Wirkung davon, ich hab einen ungemeinen Testosteronschub bekommen, ach, welche Überraschung, ja, ähm, ich persönlich hatte das jetzt in dieser Zeit jetzt noch nicht gemerkt, dass die, äh, dass die Familienklöten irgendwie auf, äh, Erbsengröße schrumpfen oder so, dafür war die Zeit ja auch, wir reden immer noch ganz am Anfangszeit, dieser, dieser, dieser Zeit, wo ich das konsumiere, wir sind noch in den ersten zwei, drei Wochen, wo ich das konsumiere, aber ich wurde natürlich, ich wurde, ich wurde riemig wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Hengst auf einer Weide mit 20 Stuten, ja, also, und auch schon innerhalb dieser zwei, drei Wochen änderte sich so meine, meine Grund, meine Grundhaltung, ja, dieses Körperliche, ja, man ist viel mehr, viel mehr körperlich geworden, man hat so drauf geachtet, dass man immer wirklich, dass man anspannt, man zeigt sich auch gegenseitig so, ja, das, ich weiß nicht, ob das der eine oder andere kennt, ja, wenn du dann irgendwo am Tresen sitzt, ja, und dann spannst du so einen Bizeps an und packst den Arm so runter und sitzt so und, äh, spannst mal den Nacken an oder was weiß ich, keine Ahnung mehr, ja, mache ich heute, versuche ich heute zu vermeiden, ja, es sei denn, ich falle in alte Muster, aber man, man beachtet, man beachtet seinen Körper viel mehr und das Negative war ja auch volle Granate so, was ich dann auch bei den anderen so, Änderungen so, die so auf einmal so ganz anders, äh, sich dann auch so enger gekleidet haben und dann, wenn du dann so an Schaufenstern vorbeigehst und die Leute dann so gucken, so von oben nach unten, so von der Seite und checken sich so ab bei jedem Schaufenster, Alter, das finde ich ja, finde ich ja ganz fürchterlich, so, ja, wenn Leute jedes Schaufenster benutzen und jeden Spiegel benutzen, um sich einmal abzuchecken von oben nach unten und sich wahrscheinlich noch am liebsten noch ein, noch ein Küsschen zuwerfen würden, aber das, das änderte sich so auf einmal, besonders bei, bei denen so, ja, dass du dann so, dann so natürlich auch, wenn du Außenstehende, die du länger nicht gesehen hast, die dann gesagt haben, oh, der ist aber ganz schön zugelegt, ja, ich pumpe ziemlich hart und so und, ja, wir sind damit jetzt nicht hausieren gegangen, dass wir spritzen, aber wenn irgendjemand gefragt hat, haben wir gesagt, ja, na klar, und scheiß drauf, ja, man darf ja nicht vergessen, das ist ja so eine Art Outlaw, was heißt, was heißt eine Art, es ist ja ein Outlaw-Leben, ist doch scheißegal, was die anderen denken, ja, aber es macht auf jeden Fall was mit, du wirst drei Meter groß, drei Meter breit, du denkst, du bist der König der Welt und es ist einfach, es verändert halt den Charakter, zu Hause ging es also zur Sache in der Kiste, ja, ähm, ein ungemeiner Schub, so eine, 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 eine unglaubliche, äh, Dauergeilheit am Anfang, das muss man wirklich sagen, also sozusagen, ein positiver Nebeneffekt für die damalige Perle, die das dann auch irgendwie, so ein zweiter Frühling des frisch-verliebt-Seins, ähm, das genießen kann, ähm, das ist aber damit ja nicht getan, sondern, was bei mir viel mehr raufgeschlagen hat, war jetzt erst mal, war jetzt erst mal das, äh, das cholerische Verhalten, das ich sowieso schon hatte, also ich war sowieso schon ein gewalttätiger, aufbrausender, besserwissender Bastard, der Menschen scheiße behandelt hat, innerhalb seiner Gruppe und außerhalb seiner Gruppe und, ähm, der jetzt noch angefangen hat, viel körperlicher zu werden, sich noch mal für größer hält und der noch mal cholerischer wird und noch mal mehr aggressiver wird, das war dann schon ein, ähm, ein ganz gefährlicher Cocktail. Zwischendurch eine lustige Anekdote, die mir jetzt gerade einfällt, von dem, von dem der, von dem der, ähm, Mike das bezogen hat, von dem der Mike das bezogen hat, der hatte, der, der wurde Mädel genannt, äh, kam, kam aus Rostock und hat dort, äh, äh, ein, 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 ein Fight Club und Bodybuilder Laden oder sowas betrieben und so weiter und den kannte er aus dem Gefängnis, die saßen mal zusammen in einer Zelle und so weiter, richtig lustige Anekdote und, ähm, der kam dann auch irgendwie, als, äh, kam der irgendwie mal bei uns in Wismar vorbei, ich war nicht dabei bei dem Treffen, Mike hat sich mit ihm alleine getroffen und dann, ähm, von dem hat er also, äh, teilweise die Steroide gekauft. Da kam der, kam der in die Stadt, Mike hat sich mit dem getroffen, ruft Mike mich an und sagt so, ja, äh, Philipp, wichtig, komm auch vorbei, bitte und so weiter. Da war der schon wieder weg und ich sag so, was ist los? Ja, der, äh, der Mädel, also der Mädel, der, äh, der, ja, der weiß da was und wenn du nach, wenn du nach Rostock fährst, wir sollten mal nach Rostock fahren, wir sollten mal in seinen Laden fahren, sollten uns den Laden mal angucken und der will dir noch was, der will dir noch was ausrichten. Und ich so, äh, was will der mir denn ausrichten? Ich so, ich kenn den gar nicht. Ja, der ist ja, der hat auch mal Mädels laufen gehabt in, 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 in Hamburg und hatte mit den und den Leuten zu tun. Ich so, ja, von mir aus. Ähm, und dann macht man sich ja sowieso immer, wenn irgendjemand sagt, also mehr, mehr Kopfgeficke kann man gar nicht haben, als dieses, ähm, ich muss mit dir sprechen, oh, 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 so der Ton, so, oh, 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 ich muss mit dir sprechen, aber machen wir nächste Woche. Was nächste Woche, Alter? Was nächste Woche? Sag sofort, ich komm sofort vorbei. 600 Kilometer soll ich irgendwo hinfahren, wo du umgehst. Und da bin ich so froh, dass ich das heute nicht mehr hab. Jeder, der das kennt, kann ihm wieder Hashtag unter kenn ich reinschreiben. Das find ich immer sehr interessant, wer das so alles kennt, so, ja, ich hab da ne Botschaft für dich, Digga, machen wir nächste Woche, weil ich bin jetzt erstmal unterwegs, ich hab keine Zeit, aber ich soll dir noch was ausrichten. Oh, was, Alter? Das ist so der schlimmste Kommentar, den man irgendwie so kriminellen Gangstern oder sonst was geben kann oder so, ich weiß da was. Und, naja, ich so, ja, auf jeden Fall fahren wir da hin. Ich sag so, hey, weißt du, worum das geht? Ja, irgendwie was aus Hamburg und Ärger oder so. Und ich so, hä, ja, keine Ahnung. Und, ähm, dann sind wir, dann sind wir auch spontan auch nach Hamburg gefahren. Nicht nach Hamburg, nach Rostock sind wir gefahren und, ähm, sind da in sein Fitnessstudio rein, haben uns da begrüßt, auch so ein Gehabe und, ähm, das, 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 das passt zu mir so nie. Ich hab auch nie, ich hab nicht mit ihm connected, ich hab gar nicht mit ihm connected. Ähm, das war schon so, schon so alle, dann so, das ganze Umfeld war, war schon für mich nicht seine Ausstrahlung, auch dieses Gehabe, so, obwohl ich das selber am hatte. Aber das ist so, wenn, wenn, wenn sich so drei, vier Gorillas so treffen, irgendwie, das muss nicht nur eine Vierer, Vierer Gorilla Gang werden. Und dann laber, 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 und dann so, und dann, und dann, äh, geht er raus, geht er raus und sagt so, ja, ich muss mal mit dir sprechen und so weiter und dann kommt er so um die Ecke und sagt so zu mir so, ja, ich war ja in Hamburg, ich hab da mit denen und denen zu tun, die sind jetzt auch teilweise im Rotlicht, die kommen auch aus dem Rechtsextremismusbereich und da ist ein, äh, da ist ein Carsten dabei, von damals, äh, C18, also von Combat 18, der ist dabei und der hat gesagt, du bist ein Feind von ihm, dass du jetzt in Wismar bist und ob ich irgendwelche Informationen über dich hätte, ich so, hä, ich so, ja klar, es ist ein Feind von mir, scheiß auf ihn, weißt du, ist mir jetzt relativ egal, weißt du, also, ähm, jeder weiß, wo wir sind und das ist jetzt das, was du mir ausrichten sollst, ja, ich wollte nur sagen, dass das ein Feind von dir ist. Ich sag, Digga, das weiß ich selber. Jeder, der die Einstieg-Rechts-Serie gesehen hat, weiß ich, na klar, selber da irgendwelchen Schmuh gemacht und ich, und ich bin jetzt hier, äh, natürlich bin ich sein Feind und er ist mein Feind, ja, ich glaub, der sieht mich, ich mein, ich hab ja meine innerliche Mitte gefunden, aber ich glaube, für ihn bin ich heute immer noch ein Feind, also, ich hab ihn einmal mal in Timmdorf getroffen, hat er mich auch gleich irgendwie angepöbeln und wollte mich, und wollte mich hauen, aber hat er dann doch nicht gemacht. Ähm, und dann sag ich so, ja, okay, du sagst mir, dass jemand ein Feind ist, wo ich weiß, das ist mein Feind, ja, und, äh, ich so, das Gespräch so abgebrochen, schon so nach einer Minute, ich sag so, ja, vielen Dank, ist eine Information, die ich nicht brauchte, Dankeschön, dass ich jetzt hier nach Rossau gekommen bin und hier so ein Palawa gemacht hab. Sagt man relativ nett, ich wollte Mike nicht vor den Kopf stoßen, dass sein Kumpel da irgendwie mir das erzählt, was ich nicht brauche und was ich nicht wissen muss und so weiter. Ja, dann da noch rumgehangen, hat Mike da noch ein paar Sachen mitgenommen, was für sich, dummes Zeug, Palawa, wir machen bald was, wir treffen uns, feiern, gehen essen und so weiter. Ja, ja, ist glaube ich in den Jahren, in denen die Kontakt hatten, ist das nicht einmal dazu gekommen. Ja, das ist dann auch immer so ein oberflächliches Gelaber, ja, ja, machen wir, machen wir, aber im Endeffekt dann doch nicht. So, wir weggefahren und sagt Mike so im Auto zu mir, ja, ich wusste ja schon, worum das geht und so weiter. Ich sag so, ja, scheiß drauf, weil du kennst die Geschichte, das ist ja, aber er wollte dir das selber sagen und so weiter und später ist es dann mal dazu gekommen, dass der Mädel wollte von mir einen Gefallen haben und zwar sollten wir, das muss man sich vorstellen, da wurde ich nochmal, das kommt mir jetzt gerade in den Kopf, am liebsten würde ich darüber einen eigenen Teil machen. Das muss man sich vorstellen, okay, dann ziehe ich das jetzt durch, das tut mir leid. Genau, also der hatte mir das gesteckt und irgendwann gab es, gab es, hatte diese Kampfsportfirma, hatte mit einem anderen Motorradclub, mit einem, auch den es da schon sehr lange gibt, aber jetzt kein 1%er Club, aber stabile Jungs, ich habe sehr gerne immer bei denen gefeiert, die heißen wie Wind, nur etwas härter und und mit denen hatten sie Streit, an der Tür gab das das, der Mädel hatte irgendwo gesoffen und Drogen genommen und da hatte einer aus diesem Motorradclub, der Chef, hatte den dann vor die Tür gesetzt, dann gab es da irgendwie Hauerei, die haben den dann zu Boden gedrückt, haben den rausgeschmissen und so weiter, ich muss sagen, der Mädel hatte sich auch sehr unangenehm, immer benommen, also wie gesagt, ihr habt das ja gesagt, war nicht so meine Welt und dann gab das riesen Streit mit dieser Kampfsportfirma, die sich rächen wollten an dieser Türsteerfirma und mit dieser Türsteerfirma waren wir jetzt dann irgendwie auch befreundet, weil die in diesem Rockerclub waren, mit dem wir dann jetzt so Kontakt hatten und das war ganz freundschaftlich und die waren ganz cool zu uns und diese Kampfsportfirma nicht. Und dann, also der hat ein Kampfsportstudio, sein Sohn ist irgendwie Europameister in irgendeiner Kampfsportart und so weiter und alles querbeet und dann kam der Mädel nach Wismar und dann hat er wieder mit Mike Kontakt aufgenommen, weil es ja sein Homie ist und hatte dann Kontakt mit dem aufgenommen und sagte so, ich soll mal dazukommen. kam ich dazu und ich sagst du, ja um was geht's denn? Und ja, du weißt ja, ich hab dir damals einen Gefallen getan. Hä? Hast du mir einen Gefallen getan? Welchen Gefallen hast du mir denn getan? Ja, ich hab dir gesagt, dass ich mal mit jemandem in Hamburg drüber gesprochen, der ist dein Feind und der ist jetzt ja, der ist halt dein Feind. Ich sag ja, das wusste ich, dass er mein Feind ist. Ich weiß, dass er mein Feind ist, aber das ist immer noch kein Gefallen getan, dass du mir sagst, wenn er mein Feind ist, wenn ich weiß, dass er mein Feind ist. Hättest du mir gesagt, jemand ist mein Feind, wo ich nicht weiß, dass er mein Feind ist. Wird jetzt kompliziert, ne? Dann hätt ich noch gesagt, okay, seh ich ein. Und als Gefallen, als Gefallen wollte der, wollte der, dass ich ein, zwei Jungs, ein, zwei Jungs organisiere und ich zusammen mit dem, mit dem Chef dieser Türsteherfirma überfalle und den Krankenhausreif schlage. Dafür, dass er mir gesagt hat, jetzt kann man sich, ich komme gerade überhaupt nicht drauf klar, aber ich da nicht drauf vorbereitet war, dass das in dieser Folge drin vorkommt, aber ich saß da an dem Tisch, Mike guckt mich an und sagt so, ja, das ist ja Gefallen gegen Gefallen. Ich sag, ja, aber der eine kann mir nicht ein Bonbon schenken als Gefallen und dem anderen gebe ich dann 100.000 Euro zurück als Gefallen. Das ist doch, das ist doch hier, ich sehe auch den Mehrwert für mich nicht und meinen Gefallen nicht. Ich gehe dafür vielleicht ins Gefängnis und wir sollen jemanden halb tot schlagen oder was. Ja, ich so, ne, ne, und dann Mike natürlich so, ja, wir gucken mal und so weiter, würdest du dafür Geld bezahlen? Ne, wie Geld dafür und so weiter? Ja, irgendwie, ähm, äh, ja, müssten wir schon, können ja ein paar Jungs organisieren, vielleicht gibt es da Freiwillige, die das für einen kleinen, schmalen Taler machen. Ich so, keine Ahnung, ich gebe da auf jeden Fall nichts dazu, ich bin da auch nicht dabei und so weiter. und ich muss auch dazu sagen, dass, äh, dass wir das später, wo wir auch den, äh, Rockerclub gemacht haben, dass wir das auch denen gesteckt hatten, dass das damals so gelaufen ist und so weiter. Was für eine Aktion, also, was für ein Typ auch, also auch selber auch immer einen auf mega hart gemacht, wie gesagt, drei Meter, drei Meter breit, drei Meter groß, soll sich jetzt auch nicht, no, no front, aber was für eine Aktion denn, ja, also, das war echt krass, äh, naja, das war nur mal so als kleiner Einblick. Ich bin trotzdem noch zu einem größeren Bastard geworden, als, äh, als ich sowieso ohnehin schon war zu dem Zeitpunkt und das ist auch, das ist dann auch, war das für mich ein mega Brandbeschleuniger, dieses, 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 dieses Zeug zu nehmen, ja. Ich selber habe jetzt immer mehr gedacht, so auch, ja, man wird immer wichtiger, man hat Leute so von oben herab behandelt, die da nicht so körperlich waren, obwohl das Freunde waren oder Weggefährten oder damalige Kameraden noch waren, hat man dann auch, kommt man ganz schnell so, wenn man so körperlich ist und sowieso groß ist, dass man andere so von der Haltung her, äh, herabwürdigt, einfach so, so, weil man, weil man sich für so stark hält und dann, wenn man dann noch glaubt, man ist sowieso der große Organisator und der große Denker und Macher und Tour und dann passiert das ganz schnell und dann war das, natürlich, dass wenn wir sowieso schon unterwegs waren oder ich unterwegs war und wir, und wir irgendwie am Feiern waren und dann war das Feiern natürlich sehr intensiv, die Drogen spielten hier für mich zu diesem Zeitpunkt noch keine Rolle, aber natürlich, der Alkohol wurde konsumiert in rauen Mengen und dann auch, auch da kann man sich ja sozusagen eine, eine kleine Resilienz, einen Widerstand aufbauen, dass man mehr Alkohol trinken kann und jetzt kam noch dieses Testosteron und dieses Trenbolon dazu, was mich schon vor dem Losgehen aufgeputscht hatte, ja, ich war sowieso schon in einer grundaggressiven Stimmung los, wo ich mich sowieso boxen wollte, wo ich sowieso Gewalt ausüben wollte und ich hatte jetzt auch diese neue Masche so angenommen, so, vorher konnte ich das ganz gut ab, in der eigenen Gruppe konnte ich das ganz gut ab, dass man übereinander miteinander lacht und Sprüche ab, es durfte nicht übertrieben werden, jeder kennt das, man kann ein, zwei, drei Sprüche, ja, aber dann, wenn es dann so die Masse annimmt, den ganzen Abend geht und so weiter, dann kann es auch ganz schnell zu dieser Eskalation kommen und jetzt bin ich aber losgegangen und fühlte mich bei jedem Wort, bei jedem Satz fühlte ich mich angepisst, ja, schon zu Hause, schon zu Hause, wenn ich mit der, wenn ich mit der Anna zu Hause lag und so weiter, ich habe jetzt, ich habe jetzt bei jedem Scheiß rumgepöbelt, das war auch die Phase, ganz lustig, also, wir hatten mega Streit in der Küche und bevor ich, erinnere ich mich noch dran, hatten wir irgendeinen Streit wegen irgendwas, irgendeinen Scheiß und ich war so aufgepusht und ich hatte ja keine, ich hatte ja keine Deeskalationsstufen oder keine, ich bin von null immer gleich auf 100% gegangen, erinnere ich mich noch so, wo ich, wo ich in eine rohe Frikadelle gegen den Kopf geschmissen habe, weil ich habe ja immer gekocht, da habe ich sie direkt an eine Stimme getroffen mit der rohen Frikadelle und das waren jetzt, so klingt jetzt heute lustig, aber ich hatte mich überhaupt nicht mehr in den Griff mit den Aggressionen, überhaupt nicht mehr und sie hat auch sehr, sehr, sehr schnell, schon nach drei, vier Wochen gesagt, sie hat gesagt, das Zeug, das Zeug oder ich, wenn du das Zeug weiter nimmst, dann, dann bin ich weg. Da habe ich gesagt, ja, ist ja halt so schlimm, vielleicht nur das Trembolon absetzen, habe mir das noch ein bisschen schön geredet, habe da versucht, mich so ein bisschen zu informieren, aber das war schon mal die erste Ansage. Jetzt waren wir auf jeden Fall auch in der Stadt unterwegs, da erinnere ich mich noch sehr genau dran, wir sind mit 10, 12 Leuten unterwegs, Mischszene zwischen Rechtsextremisten, dieses Hooliganism, Hooligans und jetzt diese Multikriminellen, die jetzt in dieser Gangsterwelt sind und dann haben wir halt unsere Standardkneipen so irgendwie genommen und ich hatte dann sowieso jemanden dabei, der vorher im Rechtsextremismus bei mir gearbeitet hat, spielte jetzt noch nicht so die Mega-Rolle hier in den Serien, aber der hatte mich schon immer mal so durch gewisse Großkotzigkeiten und so weiter mich so auf die Palme gebracht und da habe ich mich halt auch dementsprechend so drüber geärgert und ist so einfach so ein Typ, wisst ihr, kennt ihr das so, weißt du, wenn jemand anderes das gesagt hätte, hätte man sich gar nicht aufgeregt, aber wo der das gesagt hat, dann waren wir unterwegs, hatten schon Alkohol getrunken, geht durch die Stadt, sucht sowieso schon irgendwie so Ärger, wo könnte es heute knallen, macht einen Harten, man achtet drauf, dass alle einen beobachten und so weiter und dann sagt er so zu mir, ich weiß es gar nicht, also das, was er zu mir sagt, weiß ich gar nicht mehr und ich habe ihn nur angeguckt und er war bestimmt eineinhalb Köpfe kleiner, 50 Kilo weniger und hat er irgendwas zu mir gesagt, ich soll mich nicht so aufspielen oder das hat er zu jemand anderes gesagt, wo ich das gehört hatte und was dann passiert ist, Leute, das erzähle ich euch im nächsten Teil, lasst einen Daumen oben da, Daumen runter, aktiviert die Glocke hier irgendwo, damit ihr immer wisst, wann es ein neues Video gibt, ihr dürft gerne immer kommentieren, auch das hilft der Algorithmus, dass ihr sieht, das Video kommt cool, weil ich auch noch, wenn ich Scheiße finde, kommentiert das auch gerne, das Buch ist draußen, Hass macht Gewalt zu dem Kanal, bei King oder den Kongs, kriegt ihr auch die passenden Bücher signiert oder T-Shirts und so weiter, werdet gerne Kanalmitglied oder Pate, dass wir wieder losfahren können, Interviews machen, ihr könnt so viel machen, der Verein hier hinter ist extremistlos e.V., auch da freuen wir uns, wenn der eine oder andere Lust hat, dort Mitglied zu werden, das ist natürlich Ehre und ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste. Moin Leute, da melde ich mich mit dem 19. Teil Multikriminell, Multikriminalität. Ich bin voll drauf, voll drauf, voll auf Testosteron, Trembolon. Ich halte mich für den König der Welt, an diesem Komplex litt ich ja sehr lange, ich habe gedacht, ich bin nicht unbesiegbar. Also ich wusste, es gibt immer einen Endboss in Schlägereien und so weiter, aber ich wusste schon oder hatte das Gefühl, wir als Gruppe, wir als Person, wir können uns erstmal mit jedem anlegen, wir müssen nur hart genug sein und durchziehen von körperlicher Gewalt, der klassischen körperlichen Gewalt bis hin zu Schusswaffen und so weiter. Dann dieser Cocktail aus Gruppe, Testosteron, Trembolon, Geld, das machte was mit mir, war vielleicht mit die schlimmste Phase, in der ich war, jetzt gerade der Übergang, Rechtsextremismus, Multikriminalität zu den Rockern, wo man wirklich gedacht hat, jetzt, jetzt ziehen wir vollkommen durch und völlig die Bodenhaftung verloren. Wir sind draußen, wir sind unterwegs, wir sind in der Stadt, wir sind als Gruppe unterwegs, wir waren zu dem Zeitpunkt ja ein bisschen losgelöst von den Wehrwölfen, Wehrwölfen Wismar, die so ein bisschen ihr Ding gemacht hatten, aber natürlich, wir hatten sie in unserem Dunstkreis behalten, um genug Manpower zu haben, wir sind trotzdem nach wie vor zusammen losgegangen und wir waren jetzt abends und der eine aus der Gruppe, der später noch eine Rolle spielt, der hat irgendeinen abfälligen Kommentar gesagt, vielleicht meint er es nicht mal, vielleicht war ich nicht mal gemeint, das ist es ja auch, das kann ich nicht mal beschwören, ob ich gemeint war und nun war es so, dass ich absolut, absolut ausgerastet bin und man darf das nicht vergessen, wir waren ja zu dem Zeitpunkt, immer wieder hatten wir unsere Erfahrungen gemacht mit der Gewalt untereinander, besonders auch in Wehrwolf und so weiter, dass das verpönt war und der Strafe stand und so weiter. Nicht alle Regeln, die gemacht werden, gelten für die Regeln, gelten für die Leute, die die Regeln machen. Das ist oft auch in Staatsgefilden so, in anderen Firmen so und so weiter und ich persönlich, ich fühlte mich legitimiert und wenn er nur gesagt hat und so weiter, ich weiß nicht, ob Philipp das so gut bekommt hier mit seinem Testosteron und ich dann so, was hast du gesagt, du Bastard und ja und dann, was, 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 ja, dass man gleich so, ich weiß, das werden einige hier kennen, da können sie wieder Hashtag Kenneich machen, dass sie, dass sie sofort diesen, diesen, diesen Blick und diese Haltung und die Wut innerhalb von ein, zwei, drei Sekunden oder Millisekunden abrufen können, dass der Schalter, der kippt wie bei so einer Sicherung und alles ist aus und dann geht's, geht's völlig los. Ich, in meinem Rausch, ich konnte überhaupt nicht nachdenken, dieser Cocktail aus, aus den Steroiden und mit dem Alkohol und dann diese Wut, dieser Hass, diese Aggression und natürlich die Gewalterfahrung sind innerhalb weniger, sind innerhalb weniger Minuten aus mir, aus mir rausgekommen und ich sehe dann auch, ich sehe dann auch, ich erkenne dann in dieser Situation weder Freund noch Feind, also ich habe dann das Gefühl und wenn dann ich sie noch andere einmischen, habe ich das Gefühl, alle sind gegen mich, alle, jetzt seid ihr, dann seid ihr alle dran, ja, dann bin ich auch erlägisch dagegen, wenn, wenn, wenn Freunde mich so anfassen, ich sage, nimm deine Finger weg, Alter, ja, also so, da bin ich dann ganz extrem, dass ich das so gar nicht so an mich, an mich ran lasse, dann mag ich, dann erweitere ich auch sofort so mein, mein, ähm, mein, äh, mein Mikrokosmos, der wird sofort irgendwie einen Meter oder einen Meter 50 weiter, ja, dass ich dann alle so zurückhalte und, und, und gehe dann auch so auf Freunde, mit denen ich eben noch vor ein, zwei Minuten ganz chillig war und das war jetzt besonders in dieser, in dieser, äh, Steroidphase, dass ich dann gesagt habe, dass ich dann alle sozusagen als Feind angesehen habe, gesagt, verpiss dich, verpiss dich, was mischst du dich denn da jetzt ein, halt dich da raus, Alter, ja, und, ähm, ich sage, was hat er, was hat er gesagt, ja, der war nicht, der hat gar nicht dich gemeint, ich sage, wen hat er denn sonst gemeint, und dann, dann, man, man will das, glaube ich, gar nicht verstehen, wenn ich das jetzt so rekapituliere, ähm, dann, dann will man das gar nicht, ich wollte jetzt diese Wut rauslassen, okay, halt einen auf die Fresse, ja, und alle anderen haben sich dann auch überlegt, okay, ähm, wenn ich mich da jetzt zu doll einmische, vielleicht bin ich dann dran, und ich bin hier auf diesem Kanal, ich erzähle das nicht hier so, wie manch andere im Internet, dass sie sonst was, dass sie, ähm, ein, ein, ein Schlag, und drei Meter, drei Meter fliegt jemand, aber ich hatte schon eine sehr unkontrollierte Straßengewalt, und ich war schon sehr gewalttätig und ich war schon als Gegner ganz okay zu dem Zeitpunkt, heute bitte nicht, bitte nicht, und, äh, da wägen natürlich einige Leute ab und sagen, okay, will ich mir das jetzt antun, ja, also will ich jetzt, will ich jetzt hier in die, in die, in die Attacke gehen und mich da einmischen, soll ich das, soll ich das Ziel werden, und natürlich der, der das gesagt hatte, steht auch mit zwei, drei Bekannten da, der war damals noch im Wehrwolf, der hatte auch später bei uns versucht, dann, äh, Mitglied zu werden, auch bei der schwarzen Schar, und steht dann da auch, und, dann habe ich das auch so gedeutet, dass jeder Blick, egal wie er mich angeguckt hat, hätte er mich so angeguckt, so, hätte ich gesagt, was, Fragezeichen, hätte er mich so angeguckt, hätte ich gesagt, was glotzt du mich so dämlich an, also, es gab gar keine, es hätte keinen Blick, kein Nix gegeben können, außer vielleicht auf den Boden schmeißen, ganz flach, ähm, wie vor dem Papst, oder so, und, äh, in Canossa irgendwie auf den Boden schmeißen, und, und sich winselnd hinschmeißen, und sagen, Philipp, du bist der Allergrößte, und so weiter, es tut mir so leid, und so, das, das fällt mir auch nicht ganz leicht, das zu sagen, weil das zeigt einfach die Denke, und wie bastardmäßig ich drauf war, einfach, weil ich jetzt das Gefühl hatte, ich kann ihn jetzt gar nicht gehen lassen, und egal, was er jetzt macht, er legitimiert, dass ich die Gewalt jetzt ausübe, und ich hab dann auch, ich hab dann auch die anderen so beiseite geschoben, und hab dann gesagt, dann komm, weißt du, dann sagst du mir ins Gesicht, und dann stell dich dem doch, wär auch körperlich überhaupt kein, wär körperlich überhaupt keine Herausforderung für mich gewesen, klingt jetzt, das war jetzt vielleicht so arrogant, aber ich will das Video nicht wieder neu anfangen, also ich würde behaupten, das ist zu dem Zeitpunkt damals, dass mein Gegner, oder den ich als Gegner angesehen hab, aus der eigenen Gruppe, ja, dass ich das schon, ich sag jetzt mal, vielleicht sogar mit einem Fuß auf den Rücken gebunden, mit einer Hand auf den Rücken gewonnen hätte, aber darum geht es nicht, sondern einfach, ich hab mir den rausgesucht, vielleicht war auch schon unterschwellig, was hatten wir ein Thema, wir hatten auch ein Thema, der hatte ja auch bei mir mal eine Zeit lang gewohnt, und den hatte ich auch aufgenommen, und kann ich gleich noch eine lustige Anekdote von ihm erzählen, und bin dann durch die Reihen durch, und keiner hat mich so richtig, und hab dann so nach ihm geschlagen, hab mich auch mit der Ohrfeige erwischt, und die Leute dann auch so, natürlich so gehen dann auch so weg, und sagen, das reicht mir, das reicht mir, ich geh dann mit Philipp nicht mehr los, und hab keinen Bock drauf, und so weiter, und dann sagst du natürlich auch noch so, dass das so dieses Zerstörerische in diesen Gruppen, dass du dann auch sagst, dann verpiss dich, und bist du sowieso weich genug, wenn du das nicht abkannst, verpiss dich, und so weiter, und hier ist wieder diese eine Situation, wo diese ein, zwei aus dieser Gruppe von 10, 12, 14 Leuten, ein, zwei dabei sind, die ich respektiert hatte, die für mich auch, die ich als Freunde auch angesehen habe, und nicht nur als wehgefährten Kameraden, oder dieses Brüder, ja, die ich dann auch so dementsprechend, auf einer gewissen Augenhöhe respektiert habe, gewisse Augenhöhe ist auch immer schwierig, weil ich trotzdem, ich hab trotzdem ein bisschen herabgeguckt, das macht das mit dir, wenn du diese Gruppen führst, und gründest, und so weiter, aber manchmal hab ich von dieser Ebene, und hierhin geguckt, zu einigen, und einige waren halt zumindest fast auf Augenhöhe, und die haben dann diese Situation dann so halt noch gehandelt, dass sie sagen, ja, dass man dann sagt, weil du in diesem Tunnelblick, in diesem Tunnelblick, und so passiert ja auch ein Totschlag und so weiter, oder Gruppengewalt, ja, das hätte ja auch ganz schnell in der Gruppengewalt ausarten können, wenn seine Kumpanen von ihm auch mitgemacht hätten, und dann gesagt haben, jetzt reicht es uns, und so, und dann wollen wir das jetzt hier mal ausboxen, dass dich dann jemand nimmt, und das werden ganz viele Gewalttäter hier kennen, die das mit Gruppen kennen, dass man dann jemanden hat, der einem sozusagen das Gesicht anfasst, und sagt, Digga, nimm ihn ganz, und sagst, erkennst du mich? Ich bin's, fahr runter, Alter. Ja, und du, du bist so in dieser Rechtfertigung, und sagst, ja, du hast das doch auch gehört, oder was. Ja, und dann, dass du nur diese ein, zwei Personen hast, die so in diesem Augenblick gerade so an dich ranlässt, ist in gewissen Situationen sehr, sehr wichtig, weil wenn die manchmal nicht dabei sind, bei diesen Dynamiken, die dann auch noch ein bisschen durchsehen, und was stoppen können, und vielleicht nicht diese Grundaggressivität in sich haben, oder diesen Hang, und diesen Faible für Gewalt, dass die das noch stoppen können, weil sie ein gewisses Standing haben, bei den Gewalttätern, oder bei den Gewalttätern, dass sie dieses Standing haben, und das kennt man dann, und dann wurde wirklich so auf mich eingelabert, und so weiter, und du blustest dich auf, und du glotzt dann immer so hin, und sagst, komm, gib mir noch einen Grund, gib mir noch einen Grund, Alter, weißt du, gib mir noch einen Grund, und die dann immer wieder sagen, ja, du hast ja recht, jetzt muss ich mir seine Kommentare zurückhalten, ich sage, ja, wie kann er sich das erlauben, die Faze, und ja, wie kann er sich das erlauben, und für wen hält der sich, und den werde ich platt machen, und der soll sich, der soll sich, der soll hin, wo der Pfeffer wächst, ja, ähm, wenn ich heute drüber nachdenke, natürlich, tut mir das jetzt ihm gegenüber nicht so leid, ähm, wir hatten jetzt sogar, äh, auch danach nochmal Kontakt und so, es soll nur immer wieder veranschaulichen, jetzt war dieser Cocktail aus Steroiden, mit Alkohol, mit Aggressivität, ich habe auch Leute kennengelernt, das ist keine Werbung für Steroiden, ich habe auch Leute kennengelernt, die ausgeglichen sind, die damit umgehen können, und so weiter, aber wer ein Faible, wer einen Hang zur Gewalt hat, und cholerisch, und, ähm, aggressiv ist, und, ähm, unzufrieden ist, oder, für Gruppendynamiken anfällig ist, und so weiter, ist das hier, ist das eine schlechte Alternative, grundsätzlich sage ich immer wieder, beim Sport, und da halte ich es einfach damit, fass die scheiß Handel an, und drück sie einfach hoch, und dann wirst du auch, wirst du auch stark, die Situation wurde dann irgendwie, so ein bisschen bereinigt, ich fahre runter, und ich habe natürlich, eine Entschuldigung von ihm erwartet, die musste er dann ja auch machen, ähm, und selbst wenn dann entschuldigt wurde, hat man das noch so von oben herab abgetan, was ja auch so richtiges, auch Bastardverhalten ist, ja, also wenn schon jemand ankommt, dann, und dann sagt so, ja, weißt du, ja, okay, ist okay, weißt du, machst du halt nicht wieder, und so weiter, da denkt auch die Person, die sich entschuldigt, so, oder entschuldigen muss, denkt sich auch so, boah, was für ein, was für ein Hund, und, da habe ich so gar nicht drüber nachgedacht, ich sage immer, was für ein Hund, Hunde sind super, Rudolf, Heidi, wieso übernehme ich das, und, ähm, ist, das macht natürlich auch Brüche mit Leuten, und das ist das, was ich ja viele Jahre nicht gemerkt hatte, man kann nicht, ähm, den Leuten Schläge androhen, oder sie hauen, und sonst irgendwas machen, und dann erwarten, dass das bei dem, sogenannten Opfer, dann nicht was innerlich bei dem macht, ja, dass dann da vielleicht, äh, die Loyalität, oder, die, äh, Gruppe einen Riss kriegt, und so weiter, da habe ich mir natürlich überhaupt keine Gedanken damals drüber gemacht, dass die natürlich auch beieinander sitzen und sagen, Philipp, was für ein Schwein, was für ein Idiot, ich bin froh, wenn der nicht kommt, ich habe zu dieser Zeit, das überhaupt nicht reflektiert, dass ich, zu dieser Zeit, wenn wir manchmal, wir hatten ja zu diesem Zeitpunkt so kein Clubhaus, oder die hatten noch ein Clubhaus, da wollten wir aber nicht immer rumhängen, weil wir uns davon ein bisschen distanzieren wollten, da konnte ich das überhaupt nicht nachvollziehen, dass ich in dieser Phase, so, äh, öfters mal zu einer privaten Party nicht eingeladen worden bin, ja, na klar, würde ich jetzt den Philipp von, 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 aus der Zeit sehen, ähm, irgendwie 2007, ähm, Übergang 2008, mit dem würde ich, mit dem, dem würde ich auch nicht zu Hause haben wollen, den würde ich auch nicht, äh, auf einer Feier haben wollen, selbst wenn das ein Treff von Kriminellen ist, weil, weil ich alles sehr ernst genommen habe, ich war der Meinung, ich darf alles sagen, ich darf alles machen, und ich weiß, in den Kommentaren wird das kommen, dass viele dieses Verhalten so, so kennen, und bei mir waren die Steroide dieser, dieser Beschleuniger, und ich muss dazu sagen, dass ich nur, dass ich sechs oder acht Wochen das ausprobiert habe, ich habe einen ungemeinen, einen ungemeinen Städelschub bekommen, ich weiß es nicht, sage ich jetzt mal so, 20 Prozent innerhalb von, von sechs oder acht Wochen, irgendjemand wird hier wahrscheinlich drunter kommentieren, unwahrscheinlich, können auch 15 Prozent sein, aber ich habe natürlich, ich habe zugenommen, ich habe unglaublich Wasser gezogen, kann auch fett sein, also trage ich heute wahrscheinlich noch auf meinem Körper, haha, also, das war schon, das war schon ein Boost, aber es hat mein, das hier wurde, das hier wurde viel, viel, viel härter, viel härter gefickt, es hat, es hat mich unglaublich, unglaublich aggressiv gemacht, sehr, sehr unkontrolliert, und ist für, ist für mit meinen Charakterzügen, und der damaligen Einstellung, war das überhaupt keine Lösung, auch bei den anderen, so zum Beispiel einer, einer, der das auch genommen hat, ich weiß doch, wo der nach zwei Wochen, nach zwei Wochen, stehen wir dann da irgendwie, Hose runter, und Oberkörper frei, irgendwie da hinten in dem Tattoo laden, und machen die Spritzen fertig, oder so, der dreht mir seinen Rücken zu, da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich dran denke, da kriege ich eine Gänsehaut, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, da kriege ich eine Gänsehaut, wie das aussah, das könnte man sagen, ja, das hat er, der war sowieso anfällig dafür, so irgendwie ein bisschen, so schon mal Pickel zu haben, oder ein bisschen Akne zu haben, und so weiter, der hat mir den Rücken zugedreht, da habe ich gedacht, der ja setzt sofort das Zeug ab, und der hatte jetzt kein Problem damit, dass ihn das jetzt kopfmäßig angreift, zumindestens wirkte es nicht so auf mich, aber der Körper, der sah aus, der Rücken, der hätte natürlich, weil der sowieso schlank war, und sportlich war, und dann auch beim Sportgast gegeben hat, hat der natürlich ungemein aufgebaut, hat auf einmal richtig auch einen dicken Bizeps bekommen, und so weiter, und einen richtig breiten Oberkörper, aber der Rücken, der sah aus, der sah aus wie eine Katerlandschaft, wirklich ganz große, rote, große Erhebungen, und so weiter, ich weiß nicht, woher das kommt, ob man darauf dann reagiert, dass einige Körper sich abkönnen, ob das Zeugdreck ist, keine Ahnung, kann gerne mir jemand erklären, wie gesagt, ich habe das nur als Konsument, als uninformierter Konsument genommen, jetzt könnte natürlich jemand sagen, ja, da muss man sich drüber informieren, ja, du weißt trotzdem nicht, hast du zu Hause ein Labor, wo du das durch so ein Drehtestding, irgendwie analysieren kannst, und weißt du, sichere Quelle, und so weiter, ja, na klar, alle wissen das dann immer besser, und ich sag's ja hier nur meiner Erfahrung, ich sag, bleib dabei, Finger weg davon, Finger weg davon, Finger weg davon, heb die scheiß Handel hoch, dann sieh lieber sportlich fit aus, mach Crossfit, oder heb ein paar Handeln, dann siehst du besser aus, als wenn du, naja, ist so meine Einstellung halt, aber ich suche ja immer noch, ich suche ja noch immer einen Bodybuilder, oder einen Kampfsporter, der offen über Steroidkonsum spricht, ist recht herzlich eingeladen, auf diesem Kanal mit mir, über Steroide zu sprechen, ja, äh, lustige Anekdote, von dem, mit dem ich da den Streit hatte noch, was jetzt ein Phänomen war auch, dass jetzt auch, viele natürlich gesehen haben, okay, wir sind in der Multikriminalität, wir interessieren uns gerade für diese Rockersache, zu der wir bald kommen, und die haben jetzt auch gesehen, okay, wir lösen uns jetzt so ein bisschen von diesem Weltbild, äh, Rechtsextremismus, und gehen, gehen davon so ein bisschen weg, und, äh, wollen jetzt vielleicht auch auf die Schiene, irgendwie Geld zu verdienen, Geld war Mangelware bei denen alle, viele von den Hartz-IV nebenbei gejobbt, auf dem Bau haben wir die ab und zu vermittelt, ja, war auch eine Einnahmequelle von mir und Mike, dass wir, äh, Hilfsarbeiter vermittelt haben, ich hab die dann über meine Firma laufen lassen, hab die auf 450 einstellen lassen, äh, haben nebenbei noch ein 8er oder 9er Cash bekommen, und wir haben die an gewisse Abbruch- oder Bauunternehmen dann für 20, 25, 30 Euro die Stunde, äh, vermittelt und haben da auch noch kassiert, also wie gesagt, das nennt sich ja Multikriminalität, da sind wir dann überall, überall reingegangen, ja, und da haben wir die dann auch hin vermittelt, aber es war Mangelware halt, ja, und die wollten jetzt gerne auch, vielleicht haben sie so die Chancen auch gesehen, okay, wenn die Rocker machen, dann würden wir auch gerne mitmachen, dann brauchen wir mehr Geld, brauchen wir einen Motorrad, man braucht Kutte, man braucht Geld zum Leben und so weiter, und da sind die, äh, losgegangen und haben, und haben Einbrüche gemacht, und, äh, deren Masche war damals in Wismar, beziehungsweise in, ähm, im Raum Mecklenburg, sind die bei, ähm, ich glaube sogar bei Pennymerkten, darf man das so sagen? Ja, Pennymerkte, ich meine Pennymerkte oder Lidl, egal, bei irgendeiner Supermarktkette, haben sie das gemacht, dass sie die, sind sie aufs Dach gestiegen, und, äh, haben die Dachpfannen abgehoben, sind über, sind über das, äh, sind über das Dach rein, und sind dann in den Verkaufsraum, und haben dort dann versucht, die Zigaretten, Alkohol und alles, was teuer ist, dann dort rauszuschleppen. Da gab es dann so zwei, drei Einbrüche, gibt es, glaube ich, auch noch Zeitungsartikel drüber, ne, ich weiß nicht, wurden sie die Dachbande genannt, keine Ahnung, irgendwie, und da waren zwei aus, 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 also er, der bei mir gearbeitet hat, der auch bei mir gewohnt hat, der war da auch mit dabei, lange Rede, lange Rede, kurzer Sinn, die haben das öfters mal gemacht, haben dann auch uns immer wieder auch Sachen besorgt, wie Alkohol, Zigaretten und so weiter, und haben damit versucht, sich ihren Lebensstandard so ein bisschen anzuheben. Natürlich ist irgendwann auch so ein Supermarkt draufgekommen, okay, wir bräuchten Bewegungsmelder und stillen einen Alarm, wenn so eine Dachpfanne abgehoben wird, und jemand über, über das Dach reinkommt, also das ist, das ist wirklich so geschehen, und dann wurde ein Alarm ausgelöst, und ich erinnere mich noch, bei einer von den, und dann sind sie genau in Wismar am Kreisel, da war ein Pennymarkt, also es war glaube ich dann Penny, und da sind die dann irgendwie nachts 23 Uhr oder 24 Uhr sind sie da eingestiegen, ich war jetzt nicht dabei, ich kenne das jetzt nur von deren Erzählungen, und die saßen, die waren dann auf dem Dach, haben die Dachpfannen beiseite gemacht, kam die Polizei natürlich angerauscht, mit zwei, drei Einsatzwagen, und die saßen auf dem Dach, dann haben sie doch versucht, das Dach schnell zuzumachen, und saßen dann auf dem Dach, und die Polizei hat natürlich, hatte die dann im Scheinwerfer gesagt, ja, kommen sie runter, und sie sagten, ja, wieso müssen wir denn runter, wir wollten hier nur ein bisschen auf dem Dach chillen, und so, die Polizei, ja, ja, alles klar, kommen sie erstmal runter, dann können sie das nachher erklären, was sie da oben auf dem Dach chillen, aber die haben die natürlich gesehen, und haben die Jungs erkannt, und haben dann gesehen, und haben dann gesehen, ja, die sollten sich freimachen, also die sollten ihre Jacke hochziehen, und sie sollten einmal die Hose runterziehen, um zu sagen, um zu zeigen, dass sie nicht bewaffnet sind, wenn sie runterkommen, und so weiter, und ich erinnere mich noch, der, der, den ich hauen wollte, der musste dann sozusagen die Hose runterziehen, hat dann der Polizei noch gesagt, ja, ich trage keine Unterhose drüber, will ich jetzt meine Jogginghose, er hat gesagt, ziehen Sie jetzt Ihre Jogginghose einmal runter, und dann musste er, wo die Polizei hochleuchtet, auf dem Dach, musste er dann seine Hose runterziehen, und hat keine Unterhose getragen, naja, ich hoffe, ich hoffe, du siehst mir das nach, dass ich dir über das erzähle, du kannst dich ja bei Facebook gerne mal wieder melden, also der hat auch den Absprung gut geschafft, also zumindest, wo wir das letzte Mal Kontakt hatten, ja, wurden die natürlich verhaftet, die wurden dann irgendwann zur Bewährung verurteilt, oder so, aber das hatte natürlich jetzt abgefärbt, dass alle mit dieser Multikriminalität Geld verdienen, wie gesagt, Steroid war zu Ende, damit wurde auch eine kurze Zeit gehandelt, und so weiter, wollte ich mich überraushalten, ich hatte da keine Ahnung von, aber jetzt habe ich natürlich auch sehr viel erzählt, aber Maik und ich wollten auch irgendwie mehr Geld verdienen, wir haben immer wieder die Fühler ausgestreckt, ich hatte ja auch immer noch viel mit Danilo zu tun, der auch immer ein Hans Dampf in allen Gassen war, der dann auch, ach, immer mal wieder so, der kam dann auch an, und hat gesagt so, ich habe hier von einem Einbruch, habe ich hier so einen Montblanc-Kugelschreiber, ja, das sind ganz teure Kugelschreiber, aber sehr toll, und, naja, und ich sage so, ja, wieso haben die denn keine Kappe, und wieso, wo ist die Box dazu, ja, die haben sie ohne Box geklaut, ich sage so, ja, aber ich wusste, der hat ganz viel mit Rumänien zu tun, über den Paten von Rostow, und ich sage, ja, das sind doch alles Replikas, und so weiter, aber haben wir dann versucht, sind wir auch zu Geschäftsleuten hin, haben das alles verkauft, also immer wieder, wo Geld zu verdienen war, wo Geld zu machen war, aus unserer Sicht, da haben wir uns eingemischt, und wollten Geld verdienen, Hauptsache Geld, die Türsteherfirma lief auch nebenbei, damit haben wir dann auch so Objektsicherungen gemacht, das muss man sich mal vorstellen, dass man sowas wie uns, oder unsere Firma nimmt, für eine Objektsicherung, wir haben dann als Suppi gearbeitet, und dann wurde einer von uns, ist dann als Wache, zum Hotel gekommen, ein Hotel, das umgebaut wurde, oder das sind, und das wurde umgebaut, ich glaube, das war, Hohewieck, Weißenhäuser Strand, das große Hotel, auf jeden Fall, und da hat er als Nachtwache gearbeitet, und hat natürlich gesagt, ja, die haben da, die haben da irgendwie 5000 Teller, von Villaroy und Boch, und Besteck, und so weiter, und dann haben wir uns umgehorcht, so funktioniert das, dann hat er gesagt, ja, wer will hier, das frisch eingepackt, das und das, die Serie von Villaroy und Boch, dazu gibt es 25 Gabel, 25 Messer, 25 bisschen zu kleinen Espresso-Löffeln, und so weiter, mit Tellern, Sauciere, und so weiter, und haben das verschäbelt, der hat da ein Polo vollgepackt, damit es dann da abgehauen, all sowas, also da wurde wirklich alles gemacht, um Geld zu verdienen, und wir konnten unser Leben auch einigermaßen, einigermaßen gut chillen, aber, hast du 2000 im Monat, willst du zweieinhalb, hast du zweieinhalb, willst du vier, hast du vier, willst du sechs, der Ballon dahinter wächst, du gibst mir Geld aus, ich war ja auch, ich war ja auch in der, in der, in der Spielsucht, auf was wir, auf was wir auch bald kommen werden, und, da war ich auch voll drin, also der, der, der Kostenballon wächst immer mit, hast du fünf, brauchst du sieben, brauchst du sieben, das, 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 das steigt irgendwie unermesslich, und, natürlich gibt es dann viele Geschäfte, das sind keine Folgegeschäfte, ja, man hat, man macht nicht einen Kunden und dann funktioniert das alles, sondern das baut viel aufeinander auf und immer wieder Neues und wir wollten was Konstanteres haben, jetzt kam, wir sind morgens immer in einem Café, das es in Wismar nicht mehr gibt, sind wir morgens meistens Frühstück gegangen, auch nochmal schön Masse aufbauen, jeden Morgen irgendwie Donut, Rührei, weiße, heiße Schokolade, plus Orange, plus noch ein Brötchen, naja, wenn man dann morgens schon seine ersten zweieinhalb tausend Kalorien drin hat, und da kommen noch zwei Mahlzeiten, plus ein Eis, kann man sich vorstellen, was da körperlich auch passiert ist und so weiter, und in diesem Café, in diesem Café, ist, ist der Mike auf einen alten Bekannten, auch aus der Umgebung von, von Wismar gekommen, und zwar kam der Mario, und der Mario, der, der kam in den, der kam in den Laden und fuhr vor mit dem, da gab es damals den Touareg V10, absolutes Problemauto, Problemmotor von VW, teures Auto, kam vorgefahren, aber immer im Blaumann, und der hatte aber immer, wenn er Geld rausgeholt hatte, immer ganz gut Geld dabei, aber im Blaumann und dann dieses Auto dazu, und das konnten Mike und ich uns so nicht so richtig erklären, und Mike, Mike hatte halt teilweise bei den Leuten so den Ruf, lieber nichts mit Mike machen, zieht ab, oder wenn der hört, wo Geld liegt, dann wird Geld geklaut, oder Überfall und so weiter, oder will sich da reindrängeln, und dann saßen wir so zusammen, und man frühstückt so, und das kennt man, dann baut man so ein bisschen, dann baut man so ein bisschen, ein bisschen Vertrauen auf, man sitzt und so weiter, und sagt, ja, wie, wie, wie hast du das mit dem Auto gemacht, und wo du wohnst, und der war dann auch im Urlaub, mal nach Thailand geflogen, und so weiter, und, ja, und wie sagst du mal einen blauen Mann an, ja, ich saniere zu Hause, saniere ich bei mir so ein bisschen das Haus, und dann mache ich ein bisschen was fertig, und ich habe im Lotto gewonnen, ich habe eine Methode, wie man safe im Lotto gewinnen kann, und, hä, habe ich gedacht, safe im Lotto gewinnen, nee, nee, es gibt kein safe im Lotto gewinnen, und Mike war dafür schon anfällig, muss ich dazu sagen, und, wie Lotto und Drogen zusammenhängen, das erzähle ich euch im nächsten Teil, Leute, also, vielen lieben Dank, Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert gerne eine Glocke an, dass ihr wisst, wenn es ein neues Video geht, das Buch ist draußen, Hass macht Gewalt, freue ich mich, wenn ihr es bestellt, mit Signatur gibt es das bei mir im Shop, bei King unter den Kongs.de, genauso wie T-Shirts, unterstützt gerne den Kanal, als Kanalmitglied, als Pate, kriegt ihr Hintergrundbilder, Hintergrundinformationen, und so weiter, checkt auch den Verein aus, extremistlos e.V., wir freuen uns, wenn der eine oder andere dort noch Mitglied wird, um unsere Arbeit mit Jugendlichen, Heranwachsenden in der Einstiegsprävention zu arbeiten, also, dass sie nicht erst Extremisten werden, und bei der Ausstiegsarbeit könnt ihr uns unterstützen, also, vielen lieben Dank fürs Zuhören, und ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste. Moin Leute, da melde ich mich mit dem 20. Teil Multikriminell, ja, so langsam, so langsam kommen die Drogen ins Spiel, aber erstmal kommt Lotto ins Spiel, auch meine eigene Spielsucht wird intensiver, also, jetzt passieren noch ziemlich viele Dinge wieder, gleichzeitig versucht das für euch ein bisschen zu entwirren, also, die Erzählstränge laufen ja oft parallel, aber ich erzähle eine Geschichte zu Ende, aber oft passiert dabei parallel natürlich noch was. Wir hatten jetzt also den Mario K. kennengelernt, wo wir immer gefrühstückt haben, ja, das war unser Ritual, wir hatten so zwei, drei Plätze, wo wir immer gefrühstückt haben, da haben wir uns dann sozusagen mit mehreren Leuten oft getroffen, ja, ich war auch in einer stabilen Massephase damals, ja, hatten dann ja auch immer Sport gemacht, damals noch in der Garage, dann ab und zu auch in ein Studio gegangen und so weiter, aber, ja, so bei der Menge, die wir gegessen haben, konnte man nicht gegen antrainieren, aber für uns war das sowieso optisch kräftig aussehen, war wichtig, da ging es nicht um Definition oder Bodybuilder, ich habe ja mit Bodybuildern ja sowieso die Erfahrung, dass das ja, klar, die stehlen, ihre Muskeln sind groß und breit und stark, aber habe ich jetzt nicht die Erfahrung durch, dass es jetzt unbedingt die härtesten Jungs sind, da geht es ja auch mehr um was Optisches und so. Ja, der, ähm, der Mike war natürlich auch ein großer Believer, besonders wenn Leute ihm was erzählt haben, ich habe ja auch diese Phasen durch, aber ich hatte jetzt auch so eine Art Lernkurve durch, dass ich gesagt habe, ja, nicht jeden Stehler Scheiß, der mir erzählt wird, da glaube ich gleich an das mega große Geschäft und das ist alles Glaubnis, große Geld, ich habe das ja im Rotlicht geglaubt, vor der Türsteherei und sonst was, also überall war mal das große Geld und nachher von großem Geld ist dann oft mittelmäßig was hängen geblieben, mal gar nichts und mal nur ein bisschen, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtiger geworden, aber, ähm, der Mario, der jetzt da mit ins Spiel kam, der, ähm, der war jetzt nun nicht unbedingt so, so redselig, ja, das war schon so, dass er jetzt vorgefahren kam, die kannten sich von ganz, von ganz früher kannten sie sich und der Mike, der war ja schon zweimal inhaftiert, wegen BTM-Handel, hatte knapp einen Zehner abgesessen, war jetzt für mich nicht die beste Werbung, dass man sagt, man geht jetzt wieder in den Drogenhandel, ja, wenn man zweimal so krass erwischt worden ist, würde ich sagen, okay, vielleicht sollte man das Geschäftsfeld wechseln, ja, oder sich eine neue Taktik zumindestens mal überlegen, aber der Mario kam jetzt, der kam dann oft so im Blaumann und, ähm, hat dann immer gesagt, ja, saniert ein Haus und der wohnte so recht dörflich, ähm, also jetzt nicht so, dass man jetzt gesagt hat, mitten in Wismar drin, sondern noch dörflicher, und, äh, kam dann so im Blaumann, aber fuhr dann, ähm, kam dann mit dem neuen, äh, VW, äh, Touareg V10, ja, voll anfällig das Auto, der Motor, ich glaube, das war ja der Problemmotor Nummer 1 bei VW, aber ich kenne mich mit Autos nicht aus, aber, ja, der hat auch schon einen Austauschmotor, aber kam mit dem Auto vor, weiß man auf jeden Fall, teure Karre, V10 muss man auch erstmal betanken, anmelden, was weiß ich, und, äh, das Ding muss man sich auch erstmal anschaffen, dann hatte er parallel noch, äh, einen Audi, ähm, S8, ja, der ging ab, den hat er mir auch, äh, ab und zu nachher mal ausgeliehen, und, äh, da war mir irgendwie klar, okay, naja, wie, wie macht der das, ja, und, ähm, wenn man ihn so gefeiert hat, immer rumgedruckst, ja, der hatte dann auch, und das war ja mein erster Kontakt dann so richtig so, auch mal mit einem Umfeld außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern, mit, mit sowas wie, ähm, die mit den, äh, mit 1% dann mit Rockern so zu tun hat, da hatte er gesagt, ja, er hatte ja halt auch mal Glück, mit ein paar Geschäften, natürlich wusste man, jeder macht so ein paar Geschäfte nebenbei, das war ja alles so eine kriminelle Blase, ja, also jeder hat irgendwas gemacht, aber nicht jeder mit ist da so hausieren gegangen, ja, wenn er ein erfolgreiches Geschäft hatte, und dann hat er gesagt, ja, er hat ja, ähm, er, er betreibt ja noch eine, eine Strip-Bar in Bremen, und zwar, äh, mit jemandem auch von einem großen Clan, ähm, kann man, kann man glaube ich heute sagen, der fühlte sich zugehörig, äh, oder war ein Teil des Miri-Clans, und, ähm, und mit dem hat er ein Strip-Club zusammen aufgemacht, welche Verbindung die zusammen hatten, das hatte nicht, das war damals für mich noch nicht ganz, ganz schlüssig, oder war mir noch nicht ganz bekannt, und zwar, äh, sind die das gewesen, die nachher, die, das erste Mongols, Mongols-MC, äh, Chapter gegründet haben, in Bremen. Das war, es gab einen ziemlichen Aufruhr, ich hab mich da so für die Rocker-Sache ja noch nicht so hundertprozentig interessiert, wir hatten so reingeschnuppert, hatten ja so Kontakte und so weiter, und, ja, das mit dem Rechtsextremisten, mit dem Kameradschaft Werbe, das war irgendwie zu Ende, und so weiter, und jetzt hat er erzählt, ja, ja, also das ist jetzt wieder so Familie, die wollen das nicht so mit, äh, mit 81 machen, sondern die wollen das so anders, und die haben da jetzt irgendwie in den USA, und die wollen da jetzt Mongols machen, und das ist sein Partner von, von diesem Strip-Club. Da hab ich gedacht, naja, okay, gut, in Bremen Strip-Club, äh, das kann eine Menge Geld abschmeißen, ja, äh, hab ich mir zumindest so, so zusammengereimt. Hat immer ein bisschen abgekotzt, so über den Kontakt damit hin, er sagte, ja, alle so seine Leute sind da, und er war da als Deutscher, so als Einziger, und er wollte auch immer gerne, gerne stabile, äh, stabile Jungs vorzeigen, hat uns dann auch mal gefragt, Mensch, kommt ihr mal zu dem Strip-Club mit, und, ähm, das wird auch mal ein bisschen, sozusagen, äh, äh, Präsenz zeigen, ja, weil er war da ganz alleine, war da auch nicht ganz so zufrieden, da lief wohl in dem Laden auch alles nicht so ganz sauber. Der, mit dem er den Strip-Club, äh, betrieben hatte, der ist auch nachher der Präsident gewesen, der die, der, die Mongols dort gegründet hat, und der ist bei einem Motorradunfall, ist der dann auch, relativ zeitnah, äh, verunglückt. Auf jeden Fall hatte er jetzt diesen, diesen Strip-Club, und er kam ja in den Laden, und sagte dann so, ja, und meinte so, ja, okay, wie machst du das, geile Karre, da geile Karre, ja, war sehr anfällig dafür, hat sehr viele Markenklamotten so getragen, viele peinliche Sachen, die ich auch damals getragen habe, so, äh, True Religion, und, äh, da kamen so diese T-Shirts auf, mit Christian, Christian Odigier, oder, äh, Ed Hardy und so, ey, ich weiß, no hate, aber, Ed Hardy habe ich nie getragen, aber, ähm, da hat man natürlich gesehen, der hat das so nach außen gezeigt, ja, die Sachen, da wusste man, okay, das T-Shirt kostet 250, 300, 400 Euro, die Hose, äh, 400 Euro, und so weiter, okay, boah, wenn das mit dem Stripladen geht, Maik und ich natürlich auch gleich, boah, Stripladen, ich sage, ja, dann wirst du mal, du brauchst keinen Stripladen aufmachen, weißt du, also, äh, du kannst ja nicht davon leben, wenn er, wenn er, äh, zwei Trucker, ein Rentner und, äh, zwei betrunkene Studenten dann irgendwie, äh, mit 30 Euro in der Tasche kommen oder so, aber immer wieder das Wittern nach Geld, das ist das, glaube ich auch, was ich ja immer wieder sagen, was im kriminellen Milieu so ist, wenn man irgendjemanden sieht, der da erfolgreich ist oder Geld hat, dann wird sich so versucht, so ranzukleppen, ja, nicht nur so aus Freundschaft, sondern es wird so richtig genetzwerkt, wie in der Wirtschaft, ja, das ist nicht alles so Bruderschaft, sondern man versucht da irgendwie so rein und zu gucken, okay, oder wie kann man den abziehen, wie kann man sich mit reindrängen, kann ich davon profitieren und so weiter, das geht gar nicht so alles auf freundschaftlicher Basis, sondern das ist alles sehr, 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 sehr Geld und Macht fixiert, ja, das wiederhole ich ja immer wieder, aber könnt ihr wieder, Hashtag kenne ich, ja, man hängt mit Leuten rum, wo man sich einen finanziellen Vorteil oder einen Machtvorteil von erhofft, und jetzt waren wir da und da hat er gesagt, okay, wir haben einen Stripclub, das ist alles gut und schön, aber wie machst du das denn sonst, ja, ich habe da ein System und ich spiele ja dann, ich spiele dann Lotto und ich so, ich schon hier, weißt du hier, Lotto, ja, also Lotto ist die Hoffnung des kleinen Mannes und, also ich halte davon gar nichts, aber ich halte von allen Spielsüchten nichts mehr und der dann gesagt, ja, nein, ich tippe einen riesengroßen Systemschein, irgendwie für 1200 Euro und dann ab und zu treffe ich dann was und dann kriege ich 10.000, 20.000 ausgezahlt, da habe ich mir gedacht, ja, wenn Lotto so einfach austricksbar wäre, dann wird das jeder machen, ja, also, wenn ich sagen würde, ich tippe viermal im Monat für 1000 Euro einen Schein und alle drei, vier Wochen treffe ich 10.000, ja, das ist eine einfache Rechnung, würde ich sofort machen, ja, also, aber Mike dann auch so, ja, okay, klingt posibel, nee, ich habe hier, und dann hat er gesagt, nee, habe ich auch gerade ausgezahlt bekommen, hat auch so Bargeld gezeigt und so, nee, hat gesagt, nee, die Karre habe ich von dem Lotto gewonnen, da hat er gesagt, er hat irgendwie mal 50.000 gewonnen, damit alle so ein bisschen so, damit alle so ein bisschen beruhigt sind, ja, viele haben ja auf ihn geguckt, er hat auch auf vielen Hochzeiten rumgetanzt, der Mario, so bei den Türstehern, auf dem Dorf, dann bei uns, dann in Bremen, ja, der war überall, hat sich auch in nix so reinziehen lassen, dass er jetzt gesagt hat, so, er ist so dem hundertprozentig zugehörig oder dem, ja, war das schon, war das schon ein bisschen, ein bisschen cleverer, würde ich sagen, ja, aber auf jeden Fall, die Leute reden hinterm Rücken, okay, wie wird das gemacht, was ist da los, er selber hatte auch Drogen konsumiert, das war nun kein Geheimnis, war auch dem Alkohol nicht abgeneigt, also sehr, ein sehr feierwütiger Typ, war mir nicht unsympathisch, also ich mochte, ich mochte den irgendwie, und, aber jetzt hat er das mit dem Lotto erzählt und sagt, okay, okay, lass ihn einmal 50.000 oder 100.000 gewonnen haben, krass, gut Glück gehabt, aber mit so einem Systemschein, ja, Mike natürlich voll aufgesprungen, und hat gesagt, ja, geil, müssten wir machen, ich sagte, ja, ich kaufe auch keinen Lottoschein für 1.500 Euro oder so und tipp da neun Zahlen und was ist, wenn wir von den neun Zahlen nicht eine treffen, nee, ich schmeiße euch 1.500 Euro raus, da setze ich lieber im Casino 1.500 auf rote, da halte ich meine Chance für, für größer, nein, der hat es gesagt, das funktioniert so, todsicheres System, wie immer beim Geld verdienen und, dann, hatte das, Mike wirklich versucht, hat natürlich irgendwie nicht hingehauen, also das will ich ein bisschen vorweg, bevor ich das jetzt hier in die Länge ziehe, also es hat natürlich nicht hingehauen, aber das waren so die Anfänge, die Anfänge sozusagen zu sehen, okay, wie macht der jetzt sein Geld und da, und da war Mike jetzt richtig hinterher, hat sich richtig an ihn, an ihn rangewurstet, äh, sagt man das so, nee, ähm, hat sich richtig an ihn, an ihn rangemacht, äh, hing da wie in einer Klette dran und wollte natürlich davon profitieren, der Mike wohnte dann ja immer noch in diesem Haus von dem, von dem, äh, äh, von dem Bankräuber, da haben wir uns dann öfters getroffen, mit dem Auto, hat er, der war auch sehr großzügig, hat immer gut ausgegeben, wenn wir unterwegs waren und so, also das kann man bei dem Mayo echt nicht sagen, und, äh, irgendwann hat er, wenn man dann ein paar Tage oder ein paar Wochen spricht und ein bisschen Vertrauen aufgebaut hat, dann kommen die Leute ja raus, besonders dann im Alkohol oder unter Drogen und so weiter und sagt, ja, äh, das mit dem Lottohaus muss ich so erzählen, damit die Leute nicht fragen, wo das ganze Geld herkommt oder wie ich wohne und Sachen kaufe und Urlaub war der gerne und so weiter und, äh, hat dann gesagt, ja, da mit Bremen, das mit dem Stripclub, das ist alles gut und schön, wenn das Plus Minus Null läuft, ist das auch schon alles okay, aber, ähm, ich beziehe, ich beziehe von denen Drogen. Dann haben wir gesagt, ja, was, 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 äh, was, was verticken die denn da in dem Laden und so? Ja, mein Partner, also der, der kann rein theoretisch, äh, alles besorgen, die machen das alles, haben den, haben den Club dann, um die Einnahmen aufzublasen mit den Drogen, dass sie davon leben, dass die Polizei, Justiz, Staatsanwalt, was weiß ich, dass sie alle die Füße still halten. Ja, okay, leuchtet mir ein, Drogen, okay, erklärt alles, ähm, das ist natürlich ein ganz anderer Schnack. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so die Idee, dass ich unbedingt in den Drogenhandel rein möchte, aber wie gesagt, hier ist immer wieder, hier ist immer wieder das, äh, das Motto, äh, Gier frisst Hirn, ja, und, ähm, dann werden ja auch mal Zahlen rausgepackt, ja, dann kommen Zahlen auf den Tisch und da war ich natürlich auch anfällig für, das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man dann sagt, ja, Mensch, die haben super, die haben, die haben eine Konnecke nach, äh, ich meine Tunesien oder Marokko war das, das kommt dann über Spanien hoch und die kommen dann mit dem LKW hoch und so weiter und, ähm, die hauen das Kilo raus, wenn du es bar, bar kaufst, äh, für 3,6, 3,5, ein Kilo Gras und, wenn du es auf Komme weggibst, kannst, kannst es für 5,5, 6 weggeben auf Komme oder einen schnellen Verkauf für 4,8, 5,000, ja, und da, das sind natürlich Beträge, wo man sagt, okay, da müssten wir mit unseren Rotlicht Apartments, müssen wir lange für warten oder was der Tattoo-Laden reinspielt und so weiter und dann ist man angefixt, man ist angefixt, man will auch die, man will auch ein S8 fahren, man will auch ein Touareg V10 und nicht ein Touareg 3 Liter fahren, ja, das ist einfach, wenn du in diese Welt reinrutscht und du merkst es gar nicht, wie sie dich reinsaugt, wie sie dich charakterlich verändert, weil du so gierig wirst, weil, weil du auch teure Klamotten tragen willst, ja, du willst dann auf einmal auch nicht mit der Adidas-Jacke rumgehen, sondern, dann steigerst du dich zu Marken, ja, dann steigerst du dich, äh, dann steigerst du dich zu Boss und dann willst du nachher auch sowas wie Philipp Plein tragen oder so, ja, also heute, äh, Hashtag No Hate gegen diese Designer, aber bin ich ganz froh, dass ich wieder bei den Sportmarken angekommen bin, ja, oder bei Hawaii-Hemden, heute gar keins an. Und, äh, aber diese charakterliche Veränderung und diese Sucht, die merkt man gar nicht, ja, und deswegen, deswegen erhöht man auch das Risiko, wenn das so oft gefragt wird, so auch, auch bei Gericht oder wenn du ehemalige Kriminelle fragst, die können ja auch gerne wieder hier drunter kommentieren, nicht nur ehemalige Kriminelle, ihr müsst doch nicht alle outen, aber, ja, man will mehr, 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 ja, der eigene finanzielle Ballon wird auch aufgepustet und so weiter, man gibt mehr aus, man will besser essen gehen, man will mal Geld rausknallen, man will eine Uhr tragen und so weiter, das ist ja alles das, was ja auch im Internet präsentiert wird, ja, junge Leute gucken sich heute Streams an, die reden über Uhrenmarken, die können sie nicht mal, die können sie nicht mal richtig schreiben, aber, dann heißt es ja, diese Uhr ist eine Wertanlage, muss man nur für 70.000 kaufen, ja, und ist vielleicht in 10 Jahren 72.000 wert, vielleicht, vielleicht, aber man will das und ich war auch anfällig dafür, deswegen Hashtag No Hate. Okay, Scheiße, lass uns doch versuchen, Mike mit mir gelabert, hat gesagt, Mensch, wollen wir nicht einfach, wollen wir nicht einfach auch mal, lassen wir uns doch 2, 3 Kilo mitbringen, sag ich von mir aus, ich sag, was müssen wir da am Tisch legen, erstmal ein 10er, da fängt zu viele Kriminelle auch schon an, überhaupt diesen 10er zu besorgen, man hatte immer die Vorstellung, besonders durch Serien, Filme oder von Erzählungen von dubiosen Leuten, dass so die Geldkoffer rumstehen, dass alle so das Geld haben, ich habe gelernt, bei Kriminellen, das Geld kommt rein und dann geht es auch so wieder raus und dann fragt man nach 2 Wochen und dann heißt es, kannst du mir Geld leihen, habe ich bei den meisten gelernt, 9 von 10 haben sich so verhalten und ja, okay, erstmal ein 10er auf den Tisch legen, ich sag, ja, dann wir beide 5 und Mike so, ja, ja, mal gucken beide eine 5, könntest du nicht eine 7 machen und ich eine 3 und so weiter und dann kam natürlich das, das erste Mal auch so, dass ich bei Mike dann so gesehen habe und so weiter, er sagst du, ja, den Gewinn können wir profitieren, Risiko musst du ein bisschen mehr tragen, weil er sagt ja so, Mario ist ja mein Konta, und ich hatte ja in diesem kriminellen Milieu noch nicht so die Mega-Erfahrung, ja, das ist ja auch nicht so, dass man da jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr mitmacht und auf einmal kennt man alle Spielregeln, da wächst man langsam rein und man hat einen dauerhaften Lernprozess immer wieder und man macht immer wieder Fehler, bis man sozusagen bei so einem Endboss angekommen ist, dass man echt fast jeden Trick kennt, ich kannte ein paar Leute, die wirklich jeden Trick nachher kannten in dem kriminellen Milieu, aber das dauert natürlich und dann sag ich so, was heißt das dein Kontakt, naja, egal, egal was jetzt, wenn jetzt irgendwas, also, ich hab als erstes mit Mario gesprochen, wir haben das abgeklärt und egal was jetzt über Mario läuft, selbst wenn, selbst wenn du was mit ihm alleine machen würdest und er das auch wollen würde, müsstest du eine Gebühr an mich abdrücken, so ungefähr erklärt, ich so, ja okay, wenn das so gang und gäbe ist, ja, und das gab nachher später immer Hackmate bei sowas, wer hat wen wen vorgestellt, hä, ihr beide habt was gemacht, ja, ich hab euch doch mal beide vorgestellt, wieso hast du mich nicht beteiligt an dem Geschäft, riesen Drama auf den kriminellen Milieus, so, das ist mein Kontakt, hab ich vorgestellt, wieso hast du mir nichts gegeben und dann kam ja auch immer dieser Satz und den will ich zwischendurch mal, den will ich zwischendurch mal reinwerfen und den hab ich achts wie in die PS, da könnte ich jetzt auch ausrasten, wenn du dann mit jemandem was gemacht hast und dann wirst du so angesprochen, wirst du bei einer Party so beiseite genommen und hast, ja, Philipp, ich hab gehört, du hast mit dem und dem was gemacht und ich sag so, ja, ja, hab ich, ja, okay, ist gut gelaufen, ja, ist okay, ja, okay, freu ich mich natürlich vor euch, aber du weißt ja, ne, ich hab euch bekannt gemacht und so weiter und das war ja meine Connecte eigentlich, hab da, ja, wenn er so mit dir macht, kann ich weniger mit ihm machen, ähm, aber hey, wir sind ja Freunde, gib mir einfach das, was du denkst. Gib mir einfach das, was du denkst. Äh, und ich so, ja, ich dachte aber, wir sind auch enge Freunde, wieso hast du was dagegen, wenn ich mit ihm dann Geschäfte mach? Dann hättest du dich ja gleich beteiligen können, hätten wir das Geschäft ja zusammen machen können, muss ich dir jetzt nichts geben. Nein, gib mir nur einfach was, weißt du, das musst du ja auch verstehen, das wäre ja nur fair jetzt, ja, gib mir einfach das, was du für richtig hältst. Ja, was ist für richtig? Ich normalerweise würde sagen, jetzt denke ich ja, dass ich gesagt, ja, normalerweise würde ich denken, was ich dir jetzt geben müsste, wäre das hier. Den Handschlag, danke fürs Vermitteln. Ähm, du profitierst ja auch von vielen Sachen, du läufst immer mit unserem Namen los oder mit meinem Namen los, machst Leuten Angst, ich sag ja so, da liegt bei mir im Briefkasten, liegt da auch nicht immer ein Umschlag oder so. Ja, das ist ja was anderes und so weiter, das kommt ja noch, da kommen wir später dann zu, aber gib mir einfach das, was du denkst. Ja, und dann, was du siehst, bei so einem Geschäft, wenn dann ein Fünfer hängen geblieben ist, 5K, was weiß ich, dann habe ich gesagt, weiß nicht, 500 und dann, ja, musst du wissen, wenn das reicht. Ja, ich habe eher 250 so gedacht, ich dachte, 500 ist schon großzügig. Ja, und dann so voll so das Gesicht, dann dachte ich so, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, 550, ja, und dann rücken sie doch erst raus, dann siehst du so langsam erst, wie das grinsend wird, wenn du dann langsam dich hinsteigerst zu dem Betrag, wo du hinkommst. Eine ganz üble Sache, ja, Bruder, brauchst du mir nichts geben und dann im Nachhinein, wenn du dann mal nichts gibst, und wenn du dann sagst, ja, okay, hey, dann nicht, okay, danke als gefallen, dann wird das mal irgendwann, ein halbes Jahr später ging dich rausgeholt und hast gesagt, ey, ich habe damals dir das vermittelt, da hast du mir nichts gegeben und dann sagst du, du wolltest auch nichts, ja, aber normalerweise, weißt du, ich fühlte mich schlechter bei das anzunehmen, aber normalerweise hättest du mir das schon geben müssen. Ich so, ich meine, hä, Alter, dann sag, was du kriegst, sag doch einfach, was du willst, was war das deine Leistung wert, du hast nichts dafür gemacht, du kriegst 500 Euro oder 1000 Euro jetzt, wenn du dann sag es jetzt einfach, ja, das sind so Heckmack-Sachen, mit denen Kriminelle sich rumschlagen müssen, ja, mit so einem Scheiß, das ist dann auch wie so ein Kindergarten und so weiter und dann besprechen sich beide ab und sagen, ja, was wir da jetzt verdient haben und so weiter, nach Scheiß drauf. So, dann sagte Mike natürlich so, ja, das ist jetzt mein Mann und so weiter und dann müssen wir gucken, wie das dann so läuft. Habe ich gesagt, ja gut, lass das Geld investieren und dann sagt er, okay, was weiß ich, haben wir gesagt, ja, besorgen wir uns mal 3 Kilo Gras für, was weiß ich, 10, 5 oder so haben wir das bekommen, ja, 3500, dann kam ja auch der Spruch wieder, der Maio dann auch gesagt, ja, reiche ich durch, ich weiß, alle reichen immer durch, alle Kriminellen verdienen kein Geld, keiner in der Kette hat irgendwas verdient, das ist dann auch immer so ein Schutzbaum, nee, wir untereinander, von dir nehme ich kein Geld, ja, und haben wir das bestellt und ich habe mir dann zu diesem Zeitpunkt so überhaupt keine Gedanken gemacht, okay, jetzt steigen wir wirklich in den Drogenhandel ein und das war der erste und danach war der Sog dahin so groß, also diese Bestellung ist dann geauft, ist schon ein komisches Gefühl, diese 10 Mille so irgendwie mitzugeben, ja, die man sich so, die werden so aus der Hand, so genommen, so, ja, wo man sich so denkt, so, scheiße, mal gucken, ob das klappt und dann hatte ich natürlich auch noch mein erstes, mein erstes schlechtes Erlebnis, hatte ich relativ schnell dann mit, hatte ich relativ schnell dann mit Mario, ich weiß es nicht, wer von uns beiden da recht hatte, aber das war dann auch so, dass, dadurch, dass er auf vielen Hochzeiten getanzt hat und hatte dann auch so Konecke so aufs Dorf und da gab, da sind dann viele Pumpguns immer auch so durch die Gegend gegangen und Schrotgewehre und so weiter und hatte dann irgendwann mal beim Frühstück erzählt, ja, er hat zu Hause noch ein paar Waffen rumliegen und da habe ich nur gehört Waffen, da habe ich gesagt, ja, was für Waffen hast du denn? Dann sagst du, ja, so eine abgesägte Schrotflinte, das ist so eine Art Drilling, nennt man das, ja, zwei Kammern für, für Schrot und dann ist, und ist da drunter noch eine Kammer für, ähm, eine normale Patronie, ich weiß nicht mehr, welche Millimeter das war, aber dann sagte ich so ein Drilling und der war so lang, so abgesägt, war ich leider auch anfällig für, natürlich, weil, äh, coole Optik und dann saß man auf dem Frühstück und gesagt, ja, das Ding will ich abgeben für, was weiß ich, 1.200 Euro oder so, ich gesagt, ja, schon stabiler Preis, 1.200, ja, ist egal, will ich haben, äh, lieber haben als brauchen, das war ja so eine Zeit, wo ich immer wieder Waffen überall gehortet habe, auch Mike und ich hatten ja diese, diese, äh, Kaschi gehortet, äh, unterschiedliche Waffen, äh, Blendgranate, Rauchgranaten und was weiß ich, alles vorbereitet, um für den kriminellen Krieg oder die Apartments oder auch die anderen Geschäfte zu schützen und da habe ich mir immer wieder auch privat was zugelegt, wie gesagt, lieber haben als brauchen, habe ich zu dieser Zeit gedacht und dann bin ich halt auch zu ihm hingefahren und, äh, da habe ich meine erste Lektion dann auch gelernt, immer wieder, was ich bis heute, äh, beibehalte und dann habe ich das Geld natürlich zu Hause gezählt, ähm, hab das so, gebündelt in der Hosentasche, sind bei ihm auf den Hof gefahren und, äh, er zeigt mir, klar, ich gebe ihm das Geld und er steckt ihn in die Hosentasche und ich sage, oh, alles klar, kurz geschnackt, Zigi geraucht, bin ich losgefahren und dann, dann kriege ich einen Anruf und sage so, ja, äh, äh, Mensch, komm doch mal zurück und dann bin ich zurückgefahren, irgendwie eine halbe Stunde später und sagt so, und zählst du das Geld hin und sagt so, ja, da fehlen ja 300. Ich sage, ja, ich habe das zweimal gezählt, das mache ich immer. Ja, ja, Mike dann dabei und ich sage so, ja, ich sage so, ja, was soll ich jetzt machen? Ja, du musst ja noch 300 dann bezahlen und Mike dann so, ja, du musst ja 300 bezahlen und jetzt war ihm der Mayo so wichtig, weil das natürlich die Konnecke war. Jetzt hat er das große Geld und ich sage so, ja, aber ich sage, das waren 1200, du sagst 900, was soll ich jetzt machen? Ich sage, hättest du doch zählen müssen. Ja, und dann wird so auf dich eingelabert und sagt so, ja, pass auf, du, ich habe das Geld ja nicht nötig, du siehst hier, ich mache genug Geld, wieso soll ich dich um 300 Euro bescheißen? Da habe ich gesagt so, ja, okay, warum sollte er mich um 300 Euro bescheißen? Will ich ihm jetzt auch nicht unterstellen, aber habe ich mir das, habe ich so einen Fehler gemacht? Habe ich irgendwas rausgenommen oder sonst was? Habe ich mir gedacht, scheiße. Und dann, ich sage so, ja, dann hier nochmal 300, jetzt könnte man sagen, ja, was stellst du dich wegen 300 so an? Ich kann euch das sagen, Kriminelle stellen sich nachher an, auch bei großen Beträgen, wenn dann ein Fuffi fehlt, ein Zwanni fehlt oder sonst was, da wird nicht gesagt, ach, scheiß drauf und so weiter, habe ich ganz wenig kennengelernt. Also da wird wirklich gefuchst und drüber diskutiert und sonst was alles. Ich die Scheiße bezahlt und habe mir so gedacht und seitdem, immer wenn ich Geld übergeben, muss ich sagen, zähl das jetzt. Wenn du dich zwei Minuten später, wenn ich aus dem Raum bin und du meldest dich danach bei mir und Geld fehlt, war es das, ist das dein Schaden. Ja, das mache ich heute noch so, egal, wenn ich einen Caterer bezahle für Essen oder sonst was, sage ich, hier, zähl das Geld durch, danach brauchst du dich nicht mehr bei mir melden, das war meine Lektion. Und war natürlich schon so komisch, dass ich gesehen habe, okay, Mike Netzwerk, Mike Netzwerk jetzt so hart an ihn ran, dass ich jetzt hier schon irgendwie unwichtiger bin, weil er jetzt hier merkt, okay, scheiß auf das Rotlicht, scheiß auf das und so weiter, wenn das jetzt mit den Drogen klappt, Alter, da ist das große Geld drin. Wir haben dann irgendwie, eine Woche später, hatte uns ein Kurier das hingebracht, die hatten auch so eine Art Kurierservice, die das dann so gebracht haben, musste man dann nochmal 500 drauflegen, also 10,5 plus 500 nochmal Kurierfahrt, aber haben gesagt, scheiß drauf. Und dann war das das erste Mal, dass ich das gesehen habe, dass man so eine Art, dass man diese Packen so eingeschweißt, so bekommt. Ich hatte damit noch nie vorher so zu tun und man hat sich das ja irgendwie, man hat ja so ein Bild im Kopf von so Film, von Netflix oder Sky oder sonst was, was es da so alles gibt, ja, wie das so aussieht. Und das war irgendwie so unspektakulär, aber man fühlt sich halt irgendwie, das ist schon irgendwie aufregend, Adrenalin und denkt sich so, okay, krasse Nummer und man fühlt sich auf einmal wie so ein Supergangster, ja, dass man gedacht hat, oh krass, was wir jetzt gemacht haben, jetzt haben wir wieder 3 Kilo Gras liegen, was nachher, was nachher überhaupt nichts mehr war in dem Verhältnis, aber so fühlte sich das erst mal an. Aber jetzt hatten wir das liegen und dann hatte Mike so noch ein paar ältere Kontakte rausgeholt, mit denen er früher Geschäfte gemacht hat, wo ich dann gesagt habe, okay, früher hat ja nicht so gut geklappt, aber nein, das ist safe. Das war dann auch jemand, der damals bei uns den Bordelltester gemacht hat, also der die Frauen dann so ausgetestet hat, ob die wirklich ordentlich abkassieren und arbeiten und so weiter. Und der wohnte auf der Insel Pöhl und mit dem hatten wir dann Kontakt aufgenommen und haben gesagt, pass auf, wir haben hier das und das bekommen und wir würden dann mal vorbeikommen. Sind wir hochgefahren und haben uns mit ihm getroffen, ganz kleiner, schmächtiger Typ und der war zusammen, das ist alles eine Mischpoke gewesen, wenn ich heute drüber nachdenke, wie lustig, der war dann zusammen mit unserer ersten, mit unserer zweiten Prostituierten, die bei uns gearbeitet hat, die Tochter, die die Stripperin war. Mit der Stripperin war er zusammen. Und dann sind wir da hingefahren, haben das jetzt hier, dann gibt es das große, große Gejammer. Wir wussten, okay, wir haben ungefähr 3.600 Euro pro Ding bezahlt und sagen so, pass auf, wenn du es sofort kaufst, bezahlst du, was weiß ich, 5,5 und auf Kommel kannst du es haben für 6,5 oder so. Ja, große Preisdiskussion und so weiter, riesen Trarat, alles viel zu teuer, kriege ich woanders her, ja, dann besorgst du woanders. Nein, ich nehme es doch und ja, auf jeden Fall dann gesagt, ja, nehme ich auf, komme. Ich habe mir jetzt gedacht, okay, wir fahren hin, klären das ab, Gespräch und wir kriegen jetzt, wir haben selber 11 investiert, verkaufen das jetzt für 5,5, so ein 17,5, haben wir ganz schnelle 6,5, 6,5 tausend gemacht. Da hätte ich gedacht, dann hätte ich gedacht, Wahnsinn. Aber jetzt hieß es wieder auf Kommission. Dieses ganze Geschäft war ganz neu für mich, ja, also auf komme und dann heißt es, ja, ich stücke das, ich gebe das an die und die, die und die Läufer, da geht das schnell weg, das dauert. Dann habe ich gedacht, oh, das dauert, okay, scheiße. Und was ist, wenn es weg ist? Ja, ich stehe dafür gerade. Wir standen da bei ihm auf dem Hof, da auf Pöhl, ich sage, ich sage zu meinem, wie will denn der dafür gerade stehen? Ich sage mal, so wie der hier wohnt und so wie er aussieht, sage ich mal, müsste der das dann in 10 Jahresraten in 120 Monaten abstottern, 100 Euro oder was? Ja, nein, der ist tot safe, das klappt alles und so weiter. Gut, auf komme weggegeben, komisches Gefühl, da rein zu wachsen, weil wie gesagt, 10er investiert oder 11er investiert und so weiter, scheiß drauf. Wir wieder, wir wieder zurückgefahren, hatten uns dann, hatten uns dann, so langsam damit akklimatisiert. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt noch den Tattoo-Laden laufen und jetzt kam das dann auch so mit den Rockern auf. Zu dem Zeitpunkt war die Melanie ja noch nicht weggezogen. Die Betrieb, die hatte dann noch gepierst in dem Laden, bei meinem Tattoo-Laden hatte ich noch gepierst, bevor die weggezogen ist. Und dann waren wir unterwegs und dann hatte die mich angerufen und hatte gesagt, Philipp, komm mal, komm mal ganz, komm mal, komm mal zum Tattoo-Laden. Und ich so, hä, wieso, wieso, was ist los? Ich war da, ich war da höchstens drei, vier Mal im Monat oder ich hab da öfters mal einen Kaffee getrunken, aber ich hab mich jetzt nicht um das Tagesgeschäft gekümmert. Ende des Monats wurde abgerechnet und aus die Maus, ja, aber wir standen da halt viel rum und haben da Kaffee getrunken. Ja, komm mal vorbei, ich hatte hier gerade Besuch. Ich sag so, ich sag so, ich sag die Bullen, nein, nein, wir waren ja vorher auf der, die war auf der Tattoo-Messe zu Besuch und so weiter, die in Schwerin war. Nee, nee, hier waren andere Typen da. Ich sag, was, was, was für andere Typen? Ja, komm doch jetzt einfach vorbei. Ich sag, ja, ich komm sofort vorbei, alles klar. Und dann hab ich mich auf den Weg gemacht zum Tattoo-Laden und was die in meinem Tattoo-Laden wollen oder was die von Melanie wollen und was die von uns wollen. Das erzähle ich euch beim nächsten Teil. Geht dann ein bisschen bald in die Rocker-Schiene los. Lasst einen Daumen oben da, Daumen runter, kommentiert gerne. Das Buch ist draußen. Hass, Macht, Gewalt, Spiegel, Bestseller. Schaut rein bei King unter den Kongs. Ja, da gibt's die T-Shirts, alles Mögliche. Und der Verein hier hinter diesem Projekt ist extremistlos e.V. Wir freuen uns immer wieder, wenn Leute Mitglied werden bei uns im Verein, um Antigewalt und Deradikalisierungsarbeit zu machen. Ja, was bleibt mir noch zu sagen, außer ich verbleibe mit einem Ahoi von der Küste. Moin Leute, da melde ich mich mit dem 21. Teil Multikriminell. Ja, Geld, 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 wo Geld verdient wird, gucken andere hin, wie man anderen Kriminellen das Geld wegnehmen kann. Man guckt, das ist keine homogene, geschlossene Gemeinschaft, die sich gegenseitig versucht, zu stützen, zu helfen, mehr Geld zu verdienen, irgendwie gemeinsam zu profitieren. Das funktioniert nicht so, sondern irgendjemand hat irgendwas aufgebaut, irgendjemand hat irgendeine Konnecke. Wie kann ich da ran, wie kann ich den anderen rausdrängen? Dann verdiene ich nicht nur 1.000, sondern verdiene ich 2.000. Geld teilen, Scheiße, vielleicht geheim machen und so weiter, aneinander da vorbei. Das sind nach meiner Meinung auch die größten Streitigkeiten, die es in Gangs und Gruppierungen gibt. Es geht entweder um Geld, meistens Geld und Macht, geht ja so einher in dieser Serie oder in dem, was ich dort erlebt habe, oder natürlich es geht um Frauen. Und ja, ich war ja von der Melanie getrennt, aus der Kameradschaft Werwolf Serie, die war aber ja noch in dem Tattoo-Laden auch noch drin, die ist dann später woanders hingegangen und hat sich dann da selbstständig gemacht. Aber sie war ja erst mal noch grundsätzlich auch in dem Laden drin und dann gab es, gab es halt so, ich habe mich für dieses Tattoo-Geschäft so gut wie gar nicht interessiert. Ich habe ja jetzt mal in den Fokus gelegt, so diese Rotlicht-Sachen und dann jetzt mal, okay, ins Drogengeschäft reinschnuppern, kann man das sagen? Ja. Okay, da muss ich selber drüber schmunzeln. Hab da reingeschnuppert, selber, aber da zu dem Zeitpunkt noch keine Drogen konsumiert, kommen wir noch alles zu, Leute. Jetzt, jetzt ist es dann so, dass die Melanie natürlich dann auch mal so auf Tattoo-Messen oder so war. Da gab es dann in Schwerin eine Tattoo-Messe, wo dann so auch ganz unterschiedliches Klientel da war, ja, die das so organisieren, so zwischen Rockerclub und Türsteher-Milieu, die da so ihre Finger mit drin haben, organisatorisch und auch beim Abkassieren und natürlich zu gucken. Es gab damals die großen Initiativen, sage ich mal, auch von krimineller Seite sozusagen das Tattoo-Geschäft, das Tattoo-Geschäft zu deckeln. Also, ja, keiner macht Tattoos ohne uns, also, dass die Läden alle unter Kontrolle sind oder Schutzgeld abdrücken oder man darf keinen Tattoo-Laden aufmachen. Auf die Idee bin ich soweit erst mal gar nicht gekommen, das muss ich ganz ehrlich gestehen, man ist da erst mal so noch in diesem Learning by Doing. Ich hatte zwar schon meine Erfahrung so diesem Rotlicht und so weiter, hab das aber gar nicht gesehen, wie viel Potenzial da so drin ist und jetzt war die auf der Tattoo-Messe und jetzt hat die Melanie mich angerufen und hat gesagt, ja, komm mal vorbei und so weiter. Auf der Tattoo-Messe hatte sie nämlich ein paar ganz nette Kähle kennengelernt, ja, die natürlich dann auch für ein gewisses Klientel Frauen ansprechen sind, ja, groß, breit, tätowiert, eine gewisse Autorität ausstrahlen, zumindest nach außen schon einen harten machen, ja, am Gang, Handhabe und so weiter und dann doch vielleicht ab und zu ganz charmant sein können, das ist ja, das ist ja der, das ist das, was viele, viele können, die zumindest erfolgreich sind, dass sie das Optische mit dem Charmanten einem Anfang verbinden können, ja, eine gefährliche Kombination und dann, ja, laber, laber, ja, dahinter steckt dann so mein ehemaliger Freund und so weiter, haben wir getrennt und Tattoo-Laden und da ist auch Tätowierer mit drin, ja, weiß ich nicht und alle ist bei der Tattoo-Messe so, äh, so drauf losgeplaudert, vielleicht gar nicht so, vielleicht gar nicht so, dass man sagt, ja, das war so bewusst, sondern einfach so im guten Glauben, ja, kann man ja mal erzählen, so beim Sägenbier oder bei einer Tasse Kaffee und dann, ja, in Wismar sind ja sowieso dann nur die drei Läden, aber die meisten kommen dann ja jetzt zu uns, weil der Tattoo-Wirer wird auch immer besser und das Tattoo-Geschäft boomte, ja, also so viele Läden natürlich noch nicht wie heute, heute habe ich ja Gefühl, es gibt genauso viele Tattoo-Läden wie Döner, ja, Dönerläden und, äh, ja, hat sie dann auf jeden Fall so rum erzählt und dann merkt man das gar nicht, das Gegenüber empfindet das so, ah, okay, ja, Wismar, so eine kleine Stadt in 45.000 Einwohner, ihr macht gutes Geschäft, äh, Tattoo-Termine ausgebucht, ein Jahr im Voraus, äh, oh, Mensch, die Perle hat gerade keinen Macker an der Seite und dann hat sie natürlich erzählt, so, ja, hier mein ehemaliger, was weiß ich, oder, äh, Ex-Nazi-Nazi-Kumpel, ja, dann so, ja, dann guckt natürlich so ein, so ein Rocker, da gab es damals einen Rocker-Club, der hieß Black Union aus Schwerin, mit denen sind wir später noch, äh, aneinander gerasselt, das wird auch eine ganz spannende Geschichte, die dann auf diesen Kanal kommt, ähm, und, äh, so Rocker, natürlich, die gucken dann auch so ein Milieu herab, ja, also wir sind schon alleine durch die Kutte und durch die Ämter und wir kennen die und die Leute und, äh, ist alles ein bisschen größer, brutaler und so weiter, weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben würde, so, ähm, aber natürlich ein Herabgucken, das geht damit einher, ja, also, äh, dass viele dieser Außenseitergruppierungen natürlich immer auf andere herabgucken, alle sind immer beschissen, alle sind immer schwächer, alle sind immer Lappen, und dann war natürlich die große Sache, ja, okay, äh, da ist sozusagen kein, kein, äh, kein richtiger, äh, Mann dahinter oder keine Gruppierung dahinter und dann haben sie sich gedacht und sie Wochen später sind, dann, ähm, bin ich da zu dem Laden gefahren und dann kam ich so, kam ich so hin und dann standen die da zu, zu, zu dritt, ja, einer, einer mit Kutte, zwei so mit Pullovern so aufgedruckt, bin ich so hingefahren, äh, bin ich damals ohne Maik hin, nur noch mit, mit Thoman oder noch irgendjemand, bin ich dann hingefahren, so zum Laden und ich so, ja, was gibt's, ja, nee, wollten ja nur mal Hallo sagen, wir hatten jetzt noch auf der Tattoo-Messe kennengelernt und so weiter und Melanie stand dann da und ich so, ja, ich so, was wollt ihr einen Termin machen oder was und dann, ja, dann ist das so eine Art so, so abchecken, haben auch groß mit ihrem Auto so davor geparkt und dann bauen sich auch alle auf, einige gucken dann, da waren so, weißt du, so dann mit Sonnenbrille auf, was ich mich später auch mal angeeignet habe, was auch so affig ist, wenn keine Sonne scheint, keine Sonnenbrille zu tragen, aber, äh, anderes Thema jetzt, Hashtag kenne ich, ja, und, ähm, ja, dann so diese Körperhaltung, die ich dann so das erste Mal dann auch immer so wieder mitbekommen habe, immer, das waren ja so die ganzen Anfänge, wo wir dann in Rostock die 80er kennengelernt haben oder damals noch Gremium und jetzt aus Schwerin und dann so dieses harte, so gestehe, so die Hände hier so an die Kutte, vielleicht kennt das so einer, weißt du, dann steht man immer so und dann hat man die Hände so an der Kutte, so stand ich nachher auch teilweise, ganz fürchterlich, ja, wenn ich heute die Bilder so sehe, wie man dann so steht, ja, so die Hände so an der Kutte und dann so sich so aufbauen und dann so, ja, dann macht man so den Blick so, dass man so, so auf jeden so herabguckt, so, also man macht sich so groß, so Gesicht nach hinten und, äh, und steht man da so mit seiner Kutte und da, äh, diese, diese Haltung hatte ich noch gar nicht, wir waren ja immer mit, äh, Pro, Sport, äh, Pit, Violence, Knarre, äh, Hoodies unterwegs und Bodybuilder Hosen oder so und standen dann da so und sagst du, ja, um was, um was geht's denn jetzt? Ja, nee, geht ja um Tattoo, hier gab es eigentlich mal eine Tattoo-Absprache, so wegen den Läden, Schwerin und Wismar und so weiter, ich sag ja, mit mir keiner eine Absprache getroffen und hier hat jeder gemacht, was er will, warum soll ich nicht machen, was ich will? Ja, hm, du hast ja den Laden so übernommen, ich sag ja, wie habe ich hier abgekauft und so weiter, ja, hm, okay, aber eigentlich geht das nicht so, es gab hier mal so eine Achse, hier irgendwie, es sind alles so böhmische, böhmische Dörfer wahrscheinlich für euch, so, äh, Schwerin, Gardebusch, Schwerin, Gardebusch, Grevis Mühlen, Wismar oder so, das haben die mal so irgendwie als ihr Gebiet angesehen, ich so, ja, pass mal auf, kein Mensch sieht euch hier im Stadtbild, ja, ich hab, ich hatte noch nie Kontakt mit euch und so weiter, wegen Tanduladen hätte ich bei euch anfragen sollen, so, den Tanduladen gibt es jetzt auch schon irgendwie drei Jahre, dann müsst ihr in eurem Gebiet mal ein bisschen mehr Lucky Lucky machen, ne, äh, ich sag, ich sag, interessiert mich nicht, ähm, und ich sag, was ist hier mit den beiden anderen Hanseln, wir hatten da so einen, da gab es noch so einen Laden, wie so ein alter, ja, der hatte so Stacheldraht hier so auf die Stirn, der hatte so tätowiert, so in seiner Halbwohnung, halb so, und dann gab es noch einen, äh, eher linken Tattoo-Shop, wo, äh, wo dann auch noch so tätowiert wurde, aber ein ganz offizieller Laden, ganz, äh, gegenüber von unserem, äh, von dem Werwolf-Shop später, und dann sag ich so, ja, und dann, dann war das wieder so ein Austesten, so, ja, was ist und so, und das war so mein erster Kontakt, wo ich so gedacht habe, so, ja, okay, was das hier für ein Auftritt, weißt du, aber da war ich schon so, so erfahren zumindest, dass mich sowas nicht beeindruckt hat, weil, ein Schritt so zurück, und du gehst hin und sagst so, ah ja, okay, da gab es eine Absprache, äh, krass, ja, und wie können wir das jetzt regeln, ja, wie können wir das regeln, Leute, schreibt es mal in die Kommentare, Video stopp, wie können wir das regeln, was wäre der Vorschlag, ja, natürlich, Geld, Geld, und deswegen bin ich auch gar nicht so was rum, es gibt hier nichts zu diskutieren, es gibt hier, die einzige Regelung ist, ihr könnt euch hier tätowieren lassen, dafür bezahlt ihr dann auch, oder ihr, und ihr vertonisiert euch, das ist das einzige, wo wir jetzt hier treffen können, das war so der Kontakt, wo wir so kamen, auch super arrogant so zu uns, ja, so super arrogant, aber dann kann ich auch auf Gegenarroganz stellen, da gehe ich ganz schnell in die Gegenarroganz, und sagst so, ja, alles klar, und dann so, so beim Weggehen, das kennen wahrscheinlich auch einige, dann, dann lässt man sowas droppen, so, dann, dann droppen die sowas, ja, werden wir es schon sehen, ne, vielleicht müssen wir uns wissen, nochmal genauer angucken, und dann, haben wir auch gesagt, da muss man sich vielleicht Schwerin auch mal genauer angucken, ja, und dann wird das so mit Härte, dann geht man so weg, noch ein böser Blick so hinterher geschmissen, ja, ist heute an Peinlichkeit kaum zu betreffen, ich wünsche, ich könnte es euch in dieser Situation nachspielen, ähm, und geht dann so weg, und das war, das war so der erste Versuch, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, wenn wir jetzt hier, muss man jetzt auch wieder Härte, Härte zeigen, ja, also es ging um das Rotlicht, jetzt in die Drogen rein, jetzt, ähm, Tattoo, okay, jetzt müssen wir den Sack wirklich zumachen und sagen, okay, Wismar ist No-Go-Area für alle anderen Kriminellen, diese Geschäfte, die wir jetzt hier starten, die ist für alle anderen Tabu, ob da jetzt nebenbei noch jemand Geschäfte macht, mit anderen Sachen, mit denen wir nichts zu tun haben, ist okay, und da war es auch nicht so, dass wir dann da herangegangen sind, haben gesagt, ja, da wollen wir beteiligt werden und so weiter, aber grundsätzlich an unser Kerngeschäft sollte keiner rankommen, was nach diesem Groß, wir müssen uns Wismar mal genau angucken und so weiter, was danach gekommen ist, Leute, kann ich euch sagen, und zwar, nischt, nischt ist danach gekommen und da habe ich auch das gelernt, was ich später gelernt habe, wenn jemand eine Drohung per Wort loslässt und die dann nicht einhält, da spricht sich dann im kriminellen Milieu mega schnell rum, dass es heißt, ja, der hat eben eine Ansage gemacht und hat dann nicht durchgezogen und so weiter, so schnell ist ein Ruf ruiniert und so ist das dann auch gekommen, diese Black Union waren mal ein ganz angesehener Club, aber deren Präsident ist dann irgendwie, ich meine, verunglückt oder so und einige von denen sind nach Hamburg gegangen, zu anderen Motorradclubs und so weiter und dann ist das zusammengebrückelt, irgendwie auf so eine kleinere Clique und so weiter, die konnten das dann nicht mehr stabilisieren und nicht mehr die Härte aufweisen, die sie wahrscheinlich gebraucht hätten, dann ist nichts nachgekommen und so was spricht sich rum, das erzählst du dann in Rostock, erzählst da und wenn du da hinfährst und sagst, ach komm, die machen doch nichts, haben Harten gemacht, sondern abgepisst und dann war es das, so einfach ist es dann beendet, also in diesem Milieu muss man aufpassen, wenn man dann was sagt und was droht und so, wenn man es dann nicht macht, dann kann das einem um die Ohren fliegen, am besten gar nichts mit dem Milieu zu tun haben, lebt sich viel, viel entspannter Leute, das ist ja immer wieder die Hauptbotschaft. Auf jeden Fall trennten sich dann auch relativ schnell die Wege, die Melanie ist dann auch weggezogen, ich meine, ich hatte das schon in der Kameradschaft-Werwolf-Serie dann erzählt oder Business mit dem Hass, dass sie dann auch weggezogen ist und jetzt bin ich natürlich auf den Trichter gekommen, okay, Tattoo vielleicht ein bisschen ausbauen und ich habe das jetzt auch sozusagen nach außen präsentiert und habe gesagt, okay, Tattoo-Läden reicht jetzt hier. Dieser eine andere Tattoo-Laden, das war ein eher alternativ-linker Laden, die auch immer wieder Stress mit uns hatten, aber den haben wir grundsätzlich in Ruhe gelassen, weil da ist ein Klientel hingegangen, die wären auch nicht zu uns gekommen, wenn wir denen die Tattoos geschenkt hätten, war für mich so nicht das Problem und den älteren Tätowierer war auch nicht so das Problem, aber jetzt kam das so auf, dass das immer mehr irgendwie in diese Schiene rein wollte, was später auch noch ein Problem werden sollte, wo es zu massiver Gewalt kommen sollte. Jetzt war es aber so, dass immer wieder es einzelne Künstler, die so zu Hause gearbeitet haben, das immer wieder dann so versucht haben und dann ist das in so einem Dorf und besonders in so einem Milieu ist das natürlich sehr, sehr schnell, dass man was hört, wer was machen will. Und ich selber habe dann ganz schnell mein erstes Tattoo-Verbot an jemanden ausgesprochen, immer wieder gar nicht berücksichtigend, dass das eine Nötigung ist oder eine Erpressung oder dass man da mit jemandem so doll unter Druck setzt, mit Angst und so weiter, immer in dem Glauben, das ist ja mein Recht, das ist meine Stadt, das ist mein Recht. Also da hat man als Krimineller oder als Extremist immer die Meinung, ich mache ja alles richtig. Erst später, wenn man dann auf das zurückguckt, denkt man sich, scheiße, was für ein Bastard-Verhalten ist das denn? Und da war eine junge Frau, was heißt eine junge Frau, die ist glaube ich in meinem Alter, dann ist sie trotzdem noch eine junge Frau und die hatte mich dann zu so einem Termin gebeten, hatte dann meine Nummer rausbekommen und hat mich dann angerufen und war dann ganz aufgeregt und die hatte dann, die hatte auch einen jüngeren Freund und die hat mich dann angerufen und haben gesagt, ja, wir würden dich gerne mal sprechen und ja, aber das gerne an einem öffentlichen Ort. Ich so, an einem öffentlichen Ort, ja, von mir aus. Öffentlicher Ort war für mich oft, wir haben uns sehr viel bei McDonald's getroffen, wir hatten nachher auch die Sorge, dass McDonald's abgehört wurde, ja, oder wird, Ronald McDonald mit Mikro, ja, und haben uns dann da getroffen und dann auch dieses Auftreten, das man dann so hingelegt hat, kommt so rein, macht so einen auf Oberkuhl, ja, um was geht's, ja, dann sitzt man so am Tisch, holt sich drei Big Macs, 20 Chicken McNuggets, zwei Apfeltaschen Milchshake, ja, Massephase damals und sitzt da und die sitzen einem gegenüber und man macht so auch mega cool, ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht heute mehr so nachvollziehen, ich sehe das Bild jetzt heute noch, wie man dann so saß und die sitzen einem so ganz nervös gegenüber und du stopfst dir so rein und beachtest die so kaum, du machst das so aus einer Arroganz heraus, dass du sie so kaum so beachtest, du hörst denen zu und sagst das mal, um was geht's, ja, stopfst du nicht rein, beobachtest die und dann so, ja, du machst ja hier den Tattoo-Laden und so weiter und da gab es ja so die Gespräche, ich will, ja, ich würde auch gerne tätowieren, ja, war eine Frau und ihr Typ war jetzt, der kam gerade von der Bundeswehr zurück, wollte dann irgendwie studieren, auch in Wismar, ja, war auch eher so, Herr Lauch und hat natürlich mir gleich mit einem Blick gezeigt, wo ich ihn gescannt habe, wusste ich, okay, keine Gefahr, ja, da wird kein Gegenwind kommen, einmal, einmal in die Hände klatschen und dann war es das, das lernt man auch sehr schnell, diese Leute einzuscannen, einzuordnen, da lege ich auch zu 99% immer richtig, auch ich habe da schon einen Fehler gemacht, aber zu 99% lege ich da schon sehr richtig, ja, und dann so vorgetragen, ja, wollen ja einen Tattoo-Laden aufmachen und so weiter und ich sage so, ja, ich sage, ich sage ja, aber nicht in Wismar, ja, aber ich komme aus Wismar und ich wollte mich gerne selbst schlecht damit machen, ich tätowiere sonst zu Hause, ich sage, ja, das zu Hause tätowieren, das wird wahrscheinlich auch eingedämmt werden, ja, weil da waren die Überlegungen von uns, dass ich immer losgehe und mit ein paar Jungs losgehe und dass sich Tattoo-Termine geholt werden und dort, wo zu Hause tätowiert wird, dass wir dort mal hingehen und dann wird auch gleich so drüber gesprochen, gleich Finger zerschmettern, Daumen kaputt machen und sonst was oder Hand brechen, Arm brechen und so weiter. Als wenn das was ganz Normales ist, so wie andere darüber sprechen, muss er her noch einen Joghurt einkaufen, so haben wir drüber gesprochen, man müsste mal in die Wohnung rein, müsste man bestrafen, nehmen die uns Geschäft weg, scheiße, vielleicht sollten wir einen zweiten Tattoo-Laden aufmachen oder mehr Tätowierer nehmen, wer bei uns nicht tätowieren will, dann scheiß auf dich, dann raus. Wir hatten auch noch jemand anderes rausgedrängt, der ist dann von Wismar auch auf ein Dorf gezogen, Richtung Klütz, der hatten wir auch klar gemacht, wer sich dann in der Stadt breitmacht, der wird angegriffen und saß mir jetzt natürlich gegenüber mit völliger Unverständnis, der Typ wusste schon, okay, jetzt nicht zu doll in die Attacke gehen, jetzt nicht zu offensiv werden und sie dann so, ja, aber hier kann doch rein theoretisch jeder machen, was er will und ihr seid doch gut ausgebucht und so weiter und ich sage, ja, ich sage, noch sind wir gut ausgebucht, weißt du, wenn du dann arbeitest und ich gebe jetzt einmal nach bei dir, dann sitze ich hier demnächst, hier sitze ich hier die nächsten fünf, sechs Wochenende und dann sitzt mir jeder gegenüber und jeder macht auf einmal einen Tattoo-Laden und ich gucke nachher in die Röhre, ja, und dann, ja, aber, und dann völliges Unverständnis und dann auch so, ich will nicht sagen, so fast so Polizei angedeutet und so und da war ich dann auch so erlägisch drauf und dann sagte ich so, ja, kannst du ja sagen, ich sage, dieses Gespräch hat ja nicht stattgefunden, ich sage, ich sage, du kannst ja aufmachen, ne, also, ich habe, dann gibt man das ja so subtil mit, so untenrum, hintenrum gibt man das dann so mit, dass man dann sagt, ja, also was braucht man für einen Tattoo-Laden, also man braucht eine Versicherung, falls es brennt, man braucht eine Versicherung, ähm, falls Glas kaputt geht, man braucht eine Versicherung für Leib und Leben, ja, stell dir mal vor, irgendwie, ähm, rechte Hand wird gebrochen, ähm, was braucht man noch alles, stell dir vor, dann hängen da Leute davor ab, vor dem Laden, ja, dann muss man nachher noch einen Sicherheitsdienst beauftragen und so weiter, boah, ob sich so ein Laden dann nachher trägt, ja, also, das ist natürlich eine ganz klare Drohung, das wird so mitgegeben, aber sie wird nicht direkt ausgesprochen, wie es rechtlich zu beurteilen ist, das kann ja mal André Miegel machen oder so, ja, von YouTube kann er sich hier reingucken, kann er sagen, was das ist, ist das schon, ähm, Straftatbestand, aber da wird so mitgegeben, natürlich heißt das klar, Scheibe wird eingewichst, es kann Molotow reinfliegen oder wenn du gar nicht parierst, dann geht's los und dann gibt's einen auf den Nuss. Das ist für so eine junge Frau natürlich schon ein harter Tobak, wenn man das so sagt, ja, sie war auch schon zu dem Zeitpunkt Mutter, waren jetzt gerade in der Beziehung, hatten sich den Traum, irgendwie wollte er von der Bundeswehrabfindung dann diesen Laden öffnen und so weiter und, äh, da war dann erst mal Ende und, äh, dann, äh, dann ist das so, aber dass ich in so einem Gespräch dann den Bogen geschlagen habe und dann gesagt habe, naja, ich meine, wir sind uns ja ganz sympathisch, äh, zeig mal her, was du so tätowierst und die beiden haben wahrscheinlich so innerlich gedacht, so, äh, nee, wir sind uns nicht sympathisch, tut mir leid, ja, also wir finden dich zum Kotzen und, äh, geht gar nicht, aber du selber, ja, bist ja aus deiner Arroganze heraus und dann hat sich so Tätowierungen gezeigt, sage ich so, ja, wäre doch, wäre doch eigentlich, äh, das Sinnvollste wäre doch eigentlich, wenn du, wenn du, äh, wenn du bei uns im Laden mit tätowierst, ah ja, hm, ja, äh, also, wie jetzt Nein sagen, wie jetzt Nein sagen, das ist ja auch das große Dilemma, vor dem die meisten stehen, wie sagt man gegenüber Leuten, die Druck machen oder kriminell sind, wie sagt man da Nein? Ja, ist nicht so einfach, wie sich das jetzt anhört und dann sagte ich so, ja Mensch, das ist eine gute Idee, ich sage, weißt du was, ähm, üblicherweise war das teilweise, dass Gasttätowierer 50% abgegeben haben, ich weiß nicht mehr, wie das heute ist, kann gerne hier drunter jemand kommentieren, dass ich gesagt habe, weißt du was, alles was du machst, ich, äh, besorge dir noch eine Piercing Ausbildung, habe gesagt, dass sie dann noch ausgebildet wird als Piercerin, weil das war sie nicht, ich sage, da kannst du die Piercings im Laden übernehmen, hab schon ihr, hab schon ihr Businessplan, habe ich mir im Kopf schon zurecht gemacht, ich sage, machst die Piercings, da machen wir halb halb, Schmuckverkauf machst für mich und von den Tattoos brauchst du nur 30% abgeben, das aber Cash. Ja, da sind wir uns einig, sage ich, und die beiden sitzen da, so zusammengesackt, so, ja, in der Hoffnung, okay, wir kriegen Philipp schon überredet, da irgendwie einen Laden zu eröffnen und, äh, da habe ich den Businessplan dann mal für die abgeändert. Die müssen innerlich mega abgekotzt haben, aus der Nummer kommst nicht raus, weil ich jetzt auch gesagt hätte, wenn sie, weil ich habe jetzt in mir im Kopf ja schon das Geld zusammengerechnet, geil, hast noch eine Tüte wie rein mehr, macht so und so, kriegst von der noch irgendwie 2000 Euro im Monat und, äh, ja, habe ich im Kopf schon eingerechnet, habe ich auch schon ausgegeben im Kopf und jetzt können die gar nicht Nein sagen und aus der Nummer sind sie dann auch nicht rausgekommen und ich glaube, ein oder zwei Wochen später hat sie bei mir im Tattoo-Laden angefangen zu tätowieren. Sie ist dann auch mehrere Jahre geblieben, dazu kommen wir dann noch, bei ein paar Serien spielt sie eine ganz kleine Rolle, ich hoffe, heute, sie hat ja heute ihren eigenen Laden, ich hoffe, du nimmst mir diese Sache jetzt, äh, ja, nicht zu übel, ich weiß gar nicht, ob du das hier guckst, aber, ja, okay, also, das wurde unterbunden. Was war jetzt auf jeden Fall, okay, Tattoo-Laden muss ich mich kümmern, irgendwie, Rocker spielen irgendwie so ein bisschen mit, ähm, ich hänge aber auch immer noch, ja, mit Danilo rum, der, äh, zu diesen, ähm, Paten aus Rostock gehört, Litauische Mafia, ja, alles so, dieses Umfeld, dann jetzt, ist dieser Mario da, Mike kümmert sich recht viel jetzt gerade, okay, wir wollen, äh, Mike wollte auf jeden Fall mehr Geld, es muss mehr Geld ran, dieses Rotlicht und diese kleinen Klimbim-Geschäfte, das reicht nicht, ja, er wollte nicht einfach nur, selbst nur mit 4, 5.000 im Monat, das ist nix, ja, das ist kein Leben für ihn, er wollte dann auch, äh, auch, auch, auch Immobilien haben und so weiter und es ging natürlich, äh, da ging es immer diese Fantasien, was man haben will, von, äh, Jet Ski bis ein Boot irgendwann am Mittelmeer, äh, und mehrere Häuser und, äh, eine goldene Jogginghose und was weiß ich so, ja, da wurde immer relativ groß geträumt, das hatte ich jetzt nicht so unbedingt, ähm, war da auch schon materiell eingestellt, sehr kapitalistisch, aber jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ja, wir müssen jetzt Geschäfte machen, um sich eine Yacht am Mittelmeer zu verdienen, aber dafür war er so anfällig, hat dann immer auch sehr groß geträumt, deswegen wurden die Zahlen ja auch immer so groß gerechnet. Auf jeden Fall unser erster Deal mit dem Gras, der hat geklappt, der hat geklappt, ähm, das wurde auf Komme dann irgendwie so zurückgezahlt und, ähm, auch der, der Ron, ich kann Ihnen gerne eigentlich jetzt einen Namen geben, ist eigentlich egal, ähm, der Ron, das war ja der, der, der Bordelltester, von uns, der dann auf Pöhl wohnte und so weiter und dann mit der ehemaligen Stripperin zusammen, war sehr kompliziert, man muss alle Serien jetzt gesehen haben von mir, um das alles zu verstehen, ähm, der hatte das dann auf Komme zurückgezahlt, wie gesagt, wir hatten circa 10, 5, 11, 11 bezahlt und haben jetzt irgendwie 17 bekommen, ja, 6.000, äh, Cash, äh, schnell verdient innerhalb einer Woche auf Komme, jeder 3 Mille, ja, das ist auch das, was dann, was dann die Psyche kaputt macht, wenn man das Geld dann so kriegt, ja, dann wird ja dieses Geld so übergeben in 10 typischer Stückelung, also, ja, 5er, 10er, 20er, Fuffis, ja, wenn man Honey dabei ist, ist schon viel, ja, und das ist alles, alles gedreht, gerollt, was weiß ich, und dann wird sowas übergeben und das macht natürlich was mit dir, du hast 10 oder 10, 5 gegeben, kriegst 17 oder 18 zurück oder irgendwie so, ja, und, ähm, und dann kriegst du dieses Bündel und das ist der Gewinn, ja, Mike 3, ich 3 und du steckst dieses Bündel so ein und denkst dir, Digga, rein theoretisch, alles, was wir gemacht haben, ist, äh, ein Telefonat, ähm, wir müssen uns mal treffen, auf dem Parkplatz getroffen und haben gesagt, ähm, ich brauche, äh, bringen uns das mal mit, ähm, haben das bezahlt, sind das einmal weitergefahren, haben das auf Komme weitergegeben und haben, und sitzen jetzt im Restaurant und rechnen ab, Arbeitsaufwand, Arbeitsaufwand, keine 5 Stunden, das hat in meinem Gehirn was freigesetzt, wo ich gesagt habe, okay, um die 3, 4, 5 Mille mit dem Bordell, Wohnungen zu verdienen im Monat, da ist ganz schön Arbeit notwendig, da muss noch hin und her gefahren werden, Annoncen geschaltet werden, dann gibt es Ärger an den Wohnungen, dann gibt es Ärger mit den Frauen, dann läuft das nicht, die ist nicht rund, irgendwas ist immer, Steuer, Finanzamt, was weiß ich, allen möglicher Klimbim und das hat mich natürlich dermaßen angefixt, das muss man auch ganz ehrlich sagen, ähm, völliges Ausblenden, wir könnten hierbei erwischt werden, ich habe mich auch nicht damit beschäftigt, okay, was gibt es für den Drogenhandel als Bande, ähm, wo könnte jetzt die Schwachstelle sein, wie läuft das mit Ron, was ist, wenn das Geld mal weg ist, äh, was ist, wenn auf Komme jemand nicht bezahlt, wann müssen wir los, wenn, wie, habe ich mich überhaupt nicht beschäftigt, ich habe nur den Fokus aufs Geld gehabt, okay, das einmal die Woche, viermal 3000 sind 12.000, plus das Rotlichtgeld, plus habe ich nachher 20, 25 Mille im Monat, krass, scheiße, kein Risiko, weil wir sind ja hier die Bosse, Bullen haben eh Angst vor uns, und Bullen sind eh blöd, ja, in der ich denke, so bin ich wirklich rangegangen, und natürlich, was dieses schnelle Geld mit mir gemacht hat, ich wurde ja auch angefixt in diese, in diese Spielsucht, ähm, ja, komm mal mit, und dann, da haben wir ja diese Geschäftstreffen in der Spilo gehabt, und dann saß man da, und dann, ich wusste gar nicht, ich wusste gar nicht, wie, wie, wie Spilo funktioniert, ich hatte keine Ahnung, wie man, was das Rüberbuchen heißt, hoch, Jackpot, hatte ich keine Ahnung von, ich bin heute ein riesiger Gegner davon, ähm, ich finde das ganz fürchterlich, und, ähm, dann saß man da, und, ähm, besonders Daniel und ich saßen da, haben da unsere Treffen abgehalten, haben da auch rumgelacht und gefeiert, und so weiter, und haben abgezogen, überleutes, und, ähm, haben da Kaffee getrunken, was, wie sie, kriegst ja eine Bockwurst, Würstchen, fühlst dich da wohl, kennst nachher auch die Leute, und so weiter, und dann bimbelt das da, der eine freut sich, der andere geht mit einem traurigen Gesicht runter, und dann saß ich da natürlich, und, ähm, hab dann ja auch reingesteckt, und jetzt, jetzt war dieses Geld, jetzt war dieses Geld so schnell da, so schnell da, dass man das Gefühl hatte, okay, das, jetzt geht's auch immer so rein, besonders der Mario hat gesagt, das ist überhaupt kein Problem, ihr könnt das aus Bremen dann immer besorgen, ja, und, äh, der Ron hat gesagt, ja, die Leute haben gesagt, das war gutes Zeug, es geht weg, kann nicht wegdrücken, und so weiter, und dann hab ich gedacht, ja, krass, äh, dann spielt Geld ja nicht mehr so die große Rolle, und dann, dann war es, so bin ich in den Strudel reingekommen, wie man noch mehr betrügt, und noch mehr verzockt, und, ähm, was die Spielsucht mit mir gemacht hat, und, ähm, wie die Schnellfahrt losgeht, Leute, das erzähle ich euch beim nächsten Mal, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, lasst einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert gerne, schaut rein bei King unter den Kongs, das Buch ist raus, Hass, Macht, Gewalt, Spiegel, Bestseller, ähm, ich freue mich, dass wenn ihr das bestellt, mit Signatur gibt es das bei mir im Shop, bei King unter den Kongs.de, dieses ganze Projekt, ähm, dient der Deradikalisierung der Antigewaltarbeit, bei extremistlos.de, freuen wir uns, wenn der ein oder andere Mitglied werden möchte, und, ähm, ja, ansonsten Kontakt immer irgendwie über E-Mail, alles ist hier drunter in den Beschreibungen, für die Paten und die Kanalmitglieder gibt es immer Sondersachen, Bilder, Videos und so weiter, also, ich bedanke mich, und verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste. Moin Leute, da melde ich mich mit dem 22. Teil Multikriminell, ihr seht mal eine neue Tapete im Hintergrund, für die Leute, die vielleicht nur einen Podcast hier von irgendwann hören, die sagen, hey, wie klingt so eine neue Tapete? Also, alles ein bisschen improvisiert hier, ähm, ist ein bisschen Stress, das gerade zu machen, euch kann ich das sagen, ähm, Umzug, äh, und so weiter, aber hey, gewöhnt euch an die neue Tapete, kommentiert mal gerne, was ihr dazu sagt. Also, liebe Leute, Geschäfte, Multikriminalität hat mich fest im Griff, das schnelle Geld hat mich fest im Griff, ja, ähm, das ist eine Sucht, das ist eine Sucht, immer Bargeld auch dabei zu haben, war so auch eine Sache für mich, die so ganz, ganz wichtig war, so, ähm, so Geldclip-mäßig, immer Bargeld, große Scheine, natürlich nicht so ein Bündel 5er, 10er oder 20er, heute was so Poser immer machen, hier, guck mal, wie gut es bei mir läuft, imposen ihr Geld, ähm, oder sonst was, das ist schon im kriminellen Milieu, ist das, hat das, äh, ist das schon weit verbreitet, die, die natürlich super erfolgreich sind, die haben das nicht notwendig und machen das nicht, und die, die, ähm, das Geld haben, denen ist das eher peinlich, ich sag mal so, dieses Geld, äh, so vorzeigen, so offensiv, ist eher was immer für Kleinkriminelle, die sich so rechtfertigen müssen, wenn sie eigentlich zu Hause in ihrer kleinen Wohnung sitzen und so weiter, und dann nach draußen in ihr geliestes Auto steigen und dann nach außen diese Scheinezeichen, ist so eine Erfahrung so von mir, ich selber, ähm, war dafür dann auch so anfällig, ich hing dann aber auch mit Leuten rum, die das so gelebt haben, ja, besonders, äh, spielt in dieser Folge auch der, der Danilo wieder eine Rolle, ja, das war sozusagen die, äh, rechte Hand vom Paten aus, äh, Rostock, mit dem ich wirklich auch freundschaftlich war, ja, da war es nicht nur mal Geschäftsbeziehung, und der hatte mich damals ja auch dazu getriggert, ähm, mal in der Spilo mein erstes Geld reinzustecken und in dieser Folge geht es darum, ähm, um diese Spielsucht, die Spielsucht hat, ähm, enorm viele Leute im Griff, ja, ich bin großer Gegner von diesen Casino-Streams, auch wenn sie immer sagen, hey, nicht zocken, nicht zocken, aber komm, lass uns jetzt drei Stunden Spaß zusammen haben beim Casino-Stream, denn ich weiß, was für eine unglaubliche Anziehungskraft diese, diese, ähm, diese Maschinen haben, dieses Drehen haben, dieses Geld reinstecken, das Geräusch, wenn die Münzen wieder ausgeworfen werden, wenn Bonusspiele kommen, auf einen hohen Einsatz und so weiter, wenn man mal 1, 2, 3, 1000 Euro gewonnen hat, ähm, und man verrechnet ja nie das, was man reingesteckt hat. Ein schnelles Geld ist halt das, das ist so, wenn man, ähm, stabil einer seriösen Arbeit nachgeht, ja, dann weiß man, was man im Monat zur Verfügung hat und so weiter, aber als Krimineller klappen die Geschäfte ja nicht, die sind nicht kontinuierlich, da hat man Geld, das, äh, kommt unregelmäßig rein, das kommt in, 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 in Schüben rein, es gibt keinen Monatsanfang, es gibt keinen Monatsende mehr so richtig, ja, das ist auch eine, schwierig für vier, für viele Kriminelle, die nachher seriös werden wieder, und für mich war das jetzt so, ähm, der Tag wurde auch oft langweilig, ja, wenn man so in Serie guckt oder im Fernsehen ist alles immer ganz schnell, es geht um, es geht um Frauen, Alkohol, Partys, äh, man ist nur unterwegs, Spaß, geile Leute, alle checken einen ab, vielleicht pumpt man noch zusammen und so weiter, klar ist das ein kleiner Teil davon, ja, ich sag's immer wieder, wenn kein Spaß dabei wäre, würde ich halt auch nicht, wäre ich halt auch nicht, äh, wäre ich da nicht, äh, 20 Jahre fast dabei geblieben, besonders jetzt in der Multikriminalität, ja, äh, habe ich mich schon stark verändert, und jetzt hatte ich sehr viel mit dem Danilo zu tun, und der hatte dann auch nochmal eine Wesensveränderung bei mir durchgemacht, oder eine Charakterveränderung, ähm, die ich auch sehr, sehr schwer wieder ablegen konnte, die hatte der sehr verinnerlicht, der hatte eigentlich ein sehr weiches, ein sehr nettes, freundliches Herz, aber der war, der wusste schon jeden, der hat in jedem irgendwie auch einen wandelnden Geldbeutel gesehen. Ich persönlich war jetzt in dieser Spielsucht so drin, dass ich teilweise, dass ich hingefahren bin, das, was ich angefangen habe, mit 50 oder 100 Euro rein, ja, und man hat dann eingestellt, und man hat auf 30, 50 Cent gespielt, und so weiter, drauf geschissen, ja, dann sagen die Leute, ja, auf 30, 50 Cent kannst du ja auch nicht spielen, dann kannst du ja auch nicht gewinnen, ja, ja, klar hast du wenige Umdrehungen, aber wenn der Automat geben will, ja, dann musst du natürlich auch höher spielen, und, äh, wenn du dann, sonst, sonst funktioniert das ganze System nicht, und dann sagst du, ja, scheiß drauf, 100, 200 und so weiter, und ich habe das selber auch hier gar nicht gemerkt, und das ist auch so eine Art Radikalisierung in der, in der Spielsucht, die bei mir dann auch passiert ist, ähm, ich selber habe das gar nicht gemerkt, dass ich dann auf einmal, jeden Tag da, haben wir die Treffen da hingelegt, ich bin jeden Tag da hingefahren, du wurdest dann schon begrüßt, und dann, äh, Kaffee wie immer, und dann, ja, willst du noch irgendwas essen, und dann hat sie dir eine Bounty hingelegt, eine Beefy, und eine Bockwurst später, und eine Cola, und sonst was, du sitzt da, dann gab's, dann konntest du da noch rauchen, und hast da abgehangen, die Leute wussten, sie finden dich da, hast das Autodorf auch hingestellt, und immer, wenn Leute dann gefragt haben, ja, hängt dir jetzt nicht viel in den Spielo rum, und so, nee, äh, ja, also man, ich bin dann auch schon in die Ablehnung, in die Ablehnung gegangen, ich wusste vom Kopf her, dass nur die Spielo gewinnen kann, ja, ich wusste, da steht jemand drin, der Geld verdient, ich wusste, der Spielothekenbetreiber kriegt Geld, der Staat kriegt Geld, der Automatenaufsteller, alle kriegen irgendwie Geld, und die können nicht alles wieder ausschütten, diese Quoten, und wie man Automaten manipuliert, und Fehler in den Spielen, und so weiter, gibt's ja ganz viele Klugscheißer, ich hab nicht sehr viele kennengelernt, die mit Automaten-Glücksspiel reich geworden sind, aber so fing das dann bei mir an, sind wir hingefahren, ja, haben's dann da hingesetzt, sowas wie eine Zentrale, weil es teilweise langweilig dann war, dann hab ich mich da auch immer mit dem, mit dem Danilo getroffen, der war immer so, so unterwegs, und hat dann auch immer reingesteckt, hat auch viel heimlich gespielt, hat auch immer nicht alles gesagt, was er so verzockt hat, das machen Zocker so grundsätzlich auch nicht, und bei mir war das jetzt so, jetzt hatte ich das erste Mal so, durch die Drogen, und Misch mit dem Rotlicht, und mit der Türsteherei, dann gab's an einigen Stellen, gab's Schutzgeld, haben andere kleine Geschäfte geklappt, und dann ist das, diese Gefahr, kriegst du 500 da, verdienst 2.000 da, kriegst da 3.000, hast noch ein paar legale Einnahmen, alles immer Cashgeld, alles immer auf Tesch, ja, und dann füllt man auch kein Buch da drüber, sondern man hat so ein Gefühl dafür, okay, ich hab da ein bisschen was beiseite gepackt, hab ich hinterm Bild versteckt, oder da versteckt, ja, die Sorgen hab ich heute nicht mehr, ja, und, auf jeden Fall war es dann so, dass die Scheine so, so lockerer saßen, und man geht dann so hin, und diese Langeweile, die ich so anspreche, und das ist ja auch eine Art, eine Art Ablenken, von diesem kriminellen Leben, also, wenn ich das im Nachhinein betrachte, ist es natürlich der ganze Druck, den man hatte, ja, du weißt, da ist die Polizei, die gegen ein Spiel, du hast mit anderen Banken zu tun, du hast mit Kriminellen, du hast Leute ausgeraubt, und so weiter, ist jetzt nicht, dass das schlechte Gewissen hochkommt, aber du hast auch einen enormen Druck als Krimineller, und das ist, das war sowas wie ein Ventil, das loszuwerden, wenn du kurz vor diesem Automaten sitzt, und selbst wenn du da eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden, fünf Stunden teilweise verbringst, dass du dann völlig, dass du völlig weg bist, ja, du kannst völlig abschalten, du konzentrierst dich nur auf den scheiß Automaten, du buchst den voll, sabbelst da drum rum, sitzt da, du beobachtest das, und es geht nur da drum, und dann kommen die Spiele, und dann holt sich jemand ran, und sagt, ah, ich habe zwei Euro das, und Bücher, und sonst was, und, und, das ist fast so eine Art, aus der Realität fliehen, und ich wurde süchtig danach, ja, der erste reingestopfte Fuffi war schon der größte Fehler, den ich in der Spielsucht gemacht habe, wir hatten dann so eine, wir hatten eine Spielothek, ganz bei uns, ganz bei uns um die Ecke, ja, wo ich dann, wo ich dann mit dem Auto vorgefahren bin, nach einer Zeit habe ich mich dann echt so geschämt, wo ich gedacht habe, oh, die Leute sehen mein Auto schon oft davor, und dann, obwohl ich eigentlich gesagt habe, als Outlaw, ich scheiße da drauf, ich scheiße da drauf, was andere von mir halten, und so weiter, habe ich mein Auto in der Straße weiter versteckt, und so weiter, bin dann um die Ecke gegangen, und wenn Leute angerufen haben, bin ich aus der Spielow rausgegangen, und habe draußen telefoniert, und habe gesagt, ja, wo bist du, ja, ich bin noch unterwegs, sage ich dir gleich wie so, was ist los, und so weiter, ja, kann ich irgendwo zu dir kommen, nee, ich sage, ich komme gleich, aber ich brauche eine halbe Stunde, ja, muss das Geld wieder rausbuchen, oder du hast gerade Spiele, oder du hast gerade eine Gewinnphase, ja, und da habe ich mich selber dann bei erwischt, wo ich gesagt habe, okay, das ist mir selber peinlich, aber die Sucht, die mich da reingezogen hat, hier so, wirklich, die mich so wie an so einem Seil da reingezogen hat, in diese Scheiß, in diese Scheißautomatenwelt, die war, die war riesig, und man hat sich das ja schön geredet, ich habe mir das selber auch schön geredet, ja, wenn ich mich mit Danilo da getroffen habe, und der hatte mir dann eine Sache so, so mitgegeben, die ich ganz erschreckend fand, heute im Nachhinein, damals habe ich sie auch mit übernommen, und zwar hatte der mir gesagt, oder wenn der so verzockt hat, und hat gesagt, und hat dann so gelacht, mir hat er das dann gesagt, den anderen hat er das nicht gesagt, hat gesagt so, scheiße, ich habe gestern hier 800 Euro verballert, und so weiter, der Automat wollte nicht geben, also gibt es dann so Theorien, man kann den Automaten zwingen zu geben, klar kannst du da irgendwie 10.000 Euro reinstopfen, um nachher irgendwie 2.000 rauszuholen, aber, ja, muss man sich überlegen, ob man, ob man diese Methode machen möchte, die geht am Ende nämlich nicht auf, nach Adam Riese, und der dann, der hätte mir dann das so gesagt, ja, schon wenn er die Spilo verlässt, und er hat irgendwie 500 Euro verloren, dann überlegt er sich, wer diesen Verlust bezahlen wird, das möchte ich euch kurz erklären, das ist eine, das ist ein Gedankengang, den habe ich bei vielen Kriminellen immer gehabt, die sich dann überlegen, okay, wo, wer übernimmt diesen Schaden, jetzt nicht nur so aus der Spilo, sondern sagt, okay, ich muss jetzt schnell ein Geschäft irgendwie machen, dass ich mich besser fühle, mit meinem Verlust, den ich hier mir selber eingespielt habe, und, und so hat er das auch oft gemacht, und hat dann Dinge an Land gerissen, wirklich, um, um, um sozusagen seinen Tag zu retten, hat er Leute versucht, auf allen möglichen Sachen, irgendwelche Leute anzu, äh, irgendwelche Sachen anzudrehen, also ganz krass, zum Beispiel, es fällt mir jetzt ein, so, wir hatten so eine Phase, also er war ja die rechte Hand vom Paten aus Rostock, und war dann ganz viel mit dem auch in Rumänien unterwegs, obwohl der Litauer war, aber die hatten ganz viele Geschäfte mit Rumänien gemacht, haben da dann auch irgendwie Immobiliengeschäfte, wollten die da machen, und Autogeschäfte und sonst was, da habe ich immer so die Finger so ein bisschen weg von, ähm, Finger von gelassen, ich habe das nur aus der Ferne immer so mitbekommen, habe dann gesagt, nee, dann stecke ich mein Geld lieber in die Spiele, bevor ich dann irgendwie nach, äh, nach Rumänien stecke, ähm, Hashtag No Hate, und, ähm, ich erinnere mich noch so, dass der, also das müssen wir uns vorstellen, der, der, der ist sozusagen in einer, in einer mafiösen Mafia-Struktur drin gewesen, hat dann noch sehr viel Affinität zu, er war nachher noch sehr viel in Berlin und Hamburg unterwegs und so weiter, und der dann wirklich auch dann so um die Ecke kam und sagt so, ja, ich habe hier aus einem Raub, habe ich hier so 15 Montblanc-Kugelschreiber, und ich so, ja, Digga, okay, steht mit mir so auf dem Parkplatz, ja, kannst du davon nicht auch welche verkaufen, kannst du nicht vielleicht irgendwie an irgendwelche Geschäftspartner, weil ich ja auch legale Geschäfte hatte, oder kannst du nicht in deiner Familie verkaufen oder Freunden und so weiter, die würden ja sonst 350 Euro kaufen, so einen Füller oder Kugelschreiber von Montblanc, und ich so, ja, Digga, ich weiß, du warst vor zwei Wochen in Rumänien, ich sage, das ist jetzt Montblanc oder was, ne, nein, das Original und so, und ich sage so, ja, der, also er kam mit so einem Bündel Montblanc-Kugelschreiber, irgendwie so mit einem Gummiband drumherum, ich sage, ich kann doch jetzt nicht zu meiner Familie gehen und sagen, wollt ihr Montblanc-Kugelschreiber kaufen, ohne Hülle, ohne Rechnung, ohne Quittung, ohne Etui, ohne alles, nein, ist 100% Original, ja, also, das, 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 das musst du mir nicht noch vorstellen, und dann habe ich das selber auch übernommen und habe mir überlegt, okay, und er hat gesagt, ja, pass auf, Philipp, das ist geklaute Ware, da hatte jemand Schulden, hat er mir den gezeigt und dann guckst du den an und sagst dir, ja, keine Ahnung, ja, aber wenn wir da welche finden, die die kaufen, scheiß drauf, äh, kosten eigentlich im Laden, was weiß ich, 350, 400 Euro und so weiter, von mir kriegst du den für 120 und wenn du den dann für 250 verkaufst oder für 300 oder was weiß ich, dann machen wir halb, halb und so weiter und auf so einen Scheiß habe ich mich eingelassen, ja, also, dass man nur, ja, dass man nicht nur so von Multikriminalität, wenn man, oder wenn Gangster so erzählen, die machen die großen Geschäfte, dann geht es immer da drum, ja, also, auf dem Parkplatz stehen fünf Leute mit einer Knarre, machen Koffer auf und schieben irgendwelche Sachen umher und so weiter, klingt für YouTube immer alles wichtig, ähm, wenn sie sich dann ihre Geschichten ausdenken oder die wenigsten, die dann da Real Talk drüber machen, muss ich mal ganz ehrlich sagen, sondern es sind auch die ganz vielen kleinen Geschäfte, die man irgendwie abwickelt, überall, da gibt es 500, da gibt es 1000 und so weiter und das sind, das ist ja das, wo es in dieser Serie so drum geht, dann war das, äh, auch, genauso war ich unterwegs, dann war ich mit dem Mike unterwegs, und, ähm, da waren wir im Rotlicht-Apartment und, ähm, wir haben immer, immer, immer die Ohren hier aufgehabt und wir haben dann geguckt, okay, wo, wo können wir Geld verdienen, da hatte der Mike sowieso, immer wenn es um Geld, dann wurden die Ohren so, und dann hier, okay, wer, 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 hat hier vorhin Geld gesprochen und, ähm, da waren wir so in den Apartments und dann saßen wir mit einer unserer Stammfrauen, die von ganz Anfang an dabei war, also eine Reisende, ne, die gehören keinen, die hat man nicht in die Prostitution gezwungen und so weiter, ist also ein ganz anderes Thema, äh, Serie Einstieg Rotlichtmilieu und dann saßen wir mit der, und jetzt will ich nicht wieder den russischen Akzent machen, nach, hallo, 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 hallo Mike und dann hat sie gesagt, ja, ich habe mehrere, ich habe mehrere Freundinnen, die, ja, die würden gerne die deutsche Staatsbürgerschaft kriegen, hm, und wir so, ja, okay, äh, Pässe können wir nicht besorgen, ich kann die auch zu Hause selber nicht drucken, die stand da ein bisschen auf dem Schlauch, ja, hat sie gesagt, naja, gibt es nicht, äh, bist du verheiratet, Philipp? Ich so, nee, ich bin nicht verheiratet, hast du nicht Lust, eine meiner Freundinnen zu heiraten, sehr schönes Mädchen, ähm, sehr gehorsam, äh, kocht sehr gut und schafft auch nur an von morgens um 9 bis 22 Uhr? Ich so, nee, nee, ich sag, ich sag, erstens weiß ich das nicht, wie ich das meiner Perle zu Hause erklären soll, die seit irgendwie, äh, seit einem Jahr auf einen Heiratsantrag wartet und, äh, ich komm nach Hause und sag, ich bin jetzt mit, äh, Olga, weiß ich nicht, zusammen und wir heiraten in sechs Wochen. So weit ging dann die Gier nicht, aber es werden dann ja auch noch mit Zahlen um sich geworfen und dann wurde Maik gefragt, Maik hat dann wirklich überlegt und, äh, und dann sagten die so, ja, äh, äh, üblicherweise ist der Preis irgendwie 10, 15, 20,000 Euro, dann, äh, kommt man zusammen, man heiratet, aber dann muss man auch zusammen wohnen. Ich sag, ich sag, ich sag, auf gar keinen Fall, äh, zieht, also, äh, sag ich auch zu Maik, also wo es noch um mich ging, sag ich so, ja, also, das tut mir leid, ich glaube, ich ne 3 oder 4 Raumzimmer, äh, Wohnung hab ich damals gehabt, ich sag, ja, aber die Olga, die kann nicht bei mir einziehen, nein, die packt dann nur ihre Sachen in ihr Zimmer und kommt ab und zu vorbei. Ich sag, wie soll ich denn das meiner Perle erklären? Ich sag, nee, also, das ist jetzt auch nicht so, dass jeder Typ, jeder Gangster kommt nach Hause und sagt zu seiner Alten, so, so ist das so, sonst gibt's hier nur noch eine Nuss und so weiter. Ich hab da auch sehr viel Weiche erlebt und auch, ich hatte natürlich meine zarten Seiten, ja, wer das hier kennt, der kann Hashtag kenn ich machen, ja, einfach so nach Hause zu sagen, die Perle vor vollendete Tatsachen zu stellen, so einfach war das ja nun auch alles nicht, ja, das stellt man sich dann alles immer auch so ein bisschen leicht vor. Ja, und Maik dann auch so, sieh nicht, für 20 überlege ich und so weiter und dann hat sie gesagt, ja, okay, ja, ich würde meine Freundin fragen, haben sie ein bisschen hingeschrieben, wir saßen dann da, haben Kaffee getrunken, Kuchen in uns reingezogen, haben wir hier Freie draußen geklingelt, nein, später, in einer Stunde, mein Schatz, in einer Stunde, mein Schatz. Und dann saßen wir da und dann weiß ich noch, wie ich mal mit Maik auf der Couch saß da und, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß sie denn, die gearbeitet hat, naja, war eine rothaarige, rothaarige Russin, echt eine supernette, supernette Frau und dann sitze ich da mit Maik und dann sagt sie so, ja, das ist meine Freundin und zeigt so, ich gucke so rauf, ich, so, ich habe ich schon Maik gesagt, ich sage Maik und er guckt auch so und sagt so, ey, ey, also, das Geld, alles schön und gut, aber das hätte schon passen müssen, ja, ich glaube, ich glaube, wäre eine geile Granate gekommen irgendwie, ja, der ist schon zugesagt irgendwie, aber das sind wir auf die Idee gekommen, und haben dann halt gesagt, ja, ähm, dann werden wir, dann werden wir, äh, mal gucken in unserem Freundeskreis, wen wir da so haben, dann sind Maik und ich losgefahren und haben, haben bei den Werwölfen, haben wir abgeklappert und haben da einige der, der einsamen Herzen abgegriffen und, ähm, da gab es ja, es gab sowieso Frauenmangel und viele von denen, sage ich mal so, waren jetzt nicht so, dass man gesagt hat, so, dass die Frauen da jetzt Schlange gestanden haben, ja, erstens Gewalttätiger, Neonazi, hängt viel, nur Kameraner, säuft viel, schlägert viel und so weiter, ist jetzt nur nicht so ein Profil, was man jetzt so bei, weiß ich, Elite-Partner reinhaut oder so und die dann sagen, mhm, top, ja, sind wir dann da wirklich so hingefahren und sagen, Mensch, äh, du, du, wie sieht's aus, mal wieder Lust auf eine Frau und kannst du, wie sieht's eigentlich finanziell bei dir aus, da gab's die Antwort ja immer, ja, Geld immer scheiße, ne, und dann gesagt, Mensch, wir hätten da eine Idee und hier, hier sucht eine Frau irgendwie, eine ganz Liebe, die kennen wir auch und, ähm, die ist auch echt hübsch und so weiter, also das, die Bilder, die wir bekommen haben, schon von dem Sexportal, da hat man schon gesehen, da ist schon Filter, 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 alles hinmodelliert mit dem Computer und so weiter, da wusste ich, okay, hier kommt schon etwas, etwas Krasseres nachher um die Ecke als das Profil, was da jetzt in diesem Internetportal drin ist, ja, und haben dann wirklich, sind damit auf Werbereise gegangen, es ist auch beinahe zum Abschluss gekommen, ähm, dass wir dort eine Frau vermittelt haben, aber woran scheiterte der ist wieder, die Frau konnte das Geld nicht aufbringen, ansonsten hätten wir einen, einen der Jungs, der wurde, äh, kann man ja sagen, das ist nicht so ein richtiger Name, einer der Jungs, äh, Skinny hieß der, ähm, und Skinny sollte dahin vermittelt werden, ähm, ja, war halt auch so, war jetzt nur nicht so, dass er gesagt hat, er macht ein Unterwäschemodel für den Otto-Katalog oder so, und, äh, der sollte das machen, ähm, haben wir natürlich auch immer im Brausebrand und haben natürlich gesagt, ja, die Mensch ist bereit, äh, siebeneinhalb tausend Euro auf den Tisch zu legen, siebeneinhalb tausend Euro, die packt nur eine Zahnbürste bei dir hin und vielleicht darfst du da sogar ab und zu mal, äh, knickknack und, ähm, boah, siebeneinhalb tausend und, äh, das ist ja krass, Cash auf die Hand, ja, brauchst du gar nicht irgendwo anmelden, brauchst nichts sagen, siebeneinhalb tausend gibt's, läuft über uns, ja, nur zur Sicherheit, damit du nicht abgezogen wirst, ne, wir sagen dir auch ganz ehrlich, doch, Digga, ich schau dir jetzt in die Augen, pass auf, ich sag dir ganz ehrlich, wir kriegen neun, 750 für Mike, 750 für mich, einfach, damit wir das organisieren und er so, ja, 1,5 für euch ist ja super, voll fair, dass ihr das sagt und so weiter, natürlich haben wir auf 20 verhandelt, zwölfeinhalb, man hat der Frau verboten, über das Geld zu sprechen, man hat der Vermittlerin verboten, über das Geld zu sprechen und wir beide hätten sowieso nicht über das Geld gesprochen, so läuft das unter, ähm, Geschäfte, man jetzt sagen, werden viele wieder drunter schreibt, nein, nur du hast das so gemacht, du, du hast das so gemacht, nein, wir haben das alle so gemacht, alle konnten nicht teilen, alle wollten den größten, das größte Stück vom Kuchen, alle wollten sich das einverleiben und es ist nicht dazu gekommen, weil die Frau das Geld nicht auftreiben wollte, aber das sind alles so kleine, so kleine Komplexe, die ich dann gemacht habe, um irgendwie Geld abzugreifen, man war unterwegs, immer wieder auf der Suche und kaum kam Geld rein, war das wirklich so, dass ich zwei Mille genommen habe und habe dann gesagt, okay, 1000 auf Tasch und 1000, ach, scheiß drauf, lass durchballern, lass in die Spilo, lass durchballern und so weiter und dann hat Spilo auch nicht mehr gereicht, was musste danach kommen und das sehen wir ja auch gerade bei den ganzen Leuten, die das im Internet dafür Werbung machen, für dieses Scheißgespiele, ja, dann reicht das im Automaten nicht mehr für zwei Euro, ja, da kam Danilo zu mir und hat gesagt, Mensch, wollen wir nicht mal, wollen wir nicht mal nach Travemünden ins Casino fahren, das gibt es nicht mehr, das Casino, das ist jetzt woanders, das wurde geschlossen da am Strand und hat dann gesagt, wollen wir nicht ins Casino fahren, Digga, da kannst du eine Umdrehung machen, 10, 20, 30 Euro, brauchst du aufs Buchen nicht warten, packst das Geld rein und dann geht es raus, ja, habe ich gesagt, ja, geil, ich habe dann angefangen, Poker zu lernen, ja, da habe ich angefangen zu pokern und da ging so eine Schnellfahrt los, einfach immer wieder, jeden Tag sind wir dann los in die Spielothek, haben Geld rausgeholt, ja, und dann erzählst du natürlich, wenn du zurückkommst, ja, und ich kam nach Hause und habe der Perle erzählt und dann sagst du, boah, legst du ein bisschen Geld hin und sagst, oh, ich habe 2.000 aus der Spilo, Spilo wieder mitgebracht, aus dem Casino und so weiter und dann, ja, ist das richtig krass, 2.000 Euro hast du gewonnen, nee, ich habe 2.000 Euro wieder mitgebracht, ich bin ja mit drei losgefahren, ja, aber wirkt dann erstmal so, wenn es da liegt, immer, immer ganz krass, natürlich gibt es die Erfolgserlebnisse, sonst würde keiner mehr zocken, da ist eine gewisse Quote, der Spieler muss bei Laune gehalten werden, ja, aber mich hatte das so fest in Bann und es ist einfach eine Warnung an euch, Leute, hört auf mit dem Scheißgezocke, geht gar nicht erst hin, nicht den ersten Cent, auch die 20 Freispiele, die irgendwelche Influencer euch sagen und so weiter, nutzt diese Scheißspiele nicht, macht es nicht, das ist so eine ungemein starke Droge und ich habe, ich habe mit Sicherheit, habe ich einen niegelnagelneuen Porsche durch den Scheißautomaten gejuckt und am Pokertisch und dann geht man los, dann fährt man ins Casino und da habe ich mir so, jetzt waren wir auch wichtig, jetzt war Geld da, ja, und dann wurde ja, wurde so ein Jackett gekauft, weil ins Casino durfte man nur mit Jackett natürlich rein, ja, und, ja, das ist dann, das ist dann so ein ganz, ganz großes, wichtig Getue, ja, man nimmt dann auch das Geld, so, dass wenn man es rausholt, das auch alle sehen, man hat irgendwie einen Batzen Geld damit, ja, ich habe das ganz krass immer mitbekommen, dass einige extra dann auch mit 500ern los sind, ja, also der Danilo hat immer mehr Geld mitgenommen, als er eigentlich verzocken wollte, also der hat irgendwie 10.000 Euro mitgenommen, wie die Leute auch sehen, wenn er es rausholt, wie die Leute das Geld auch sehen im Casino, aber eigentlich war er nur bereit, irgendwie für 1.000 Euro zu spielen oder 1.500 Euro und da ging die Schnellfahrt wirklich los, wenn du da an den Automaten sitzt und du packst die Fuffis so rein, da wird reingezogen und dann steht gleich Guthaben, was weiß ich, 5.000 oder 5.000, wie das umgerechnet wird, ja, in Credits, damit man ein höheres Gefühl dafür hat und man, dass da nicht immer steht, oh, sie haben mit einer Drehung 30 Euro verloren, oh, sie haben mit der nächsten Drehung wieder 30 Euro verloren, ja, wird das in Credits umgerechnet, also da braucht man sich nicht von täuschen lassen, ja, und, das ist dann, das ist dann auf jeden Fall richtig krass geworden, dass ich wirklich süchtig danach wurde und ich habe das mehrere Jahre betrieben und das in der Multikriminalität hat mich das sehr, sehr lange begleitet, auch nachher durch Rockerzeiten, durch auf jeden Fall, ja, es ist dann auf jeden Fall, ich musste gerade mir ein bisschen das so hinsortieren, wenn ich jetzt heute natürlich drüber nachdenke, hätte man das Geld für was anderes nutzen können, aber im Endeffekt, ob weg, so weg oder so weg, ist egal, aber natürlich etwas anderes wäre dauerhafter gewesen, es war eine Ablenkung, eine Flucht und ich bin ganz dankbar dafür, dass ich da heute nicht mehr so anfällig für bin. es ist so, dass dann noch ganz viele andere Dinge immer wieder in der Multikriminalität passiert sind, wofür ich dann anfällig war und das soll es so aufzeigen, nochmal diese Lücke, die da klafft, die da dann aufgemacht wird, was man dann alles bereit ist, dafür zu tun. Ich habe natürlich auch immer wieder nebenbei, habe ich das, haben wir dann auch als Türsteher gearbeitet, da gab es natürlich auch immer wieder große Sachen, wir waren zum Beispiel, gab es einen Kampf, bevor ich dann ins Rockermilieu gewechselt bin, da hatten wir zu tun mit den Rotlichtleuten, dann aus Schwerin, die beiden, die da das Rotlicht gemacht haben und die hatten einen sehr guten Kontakt zu dem Boxer Jürgen Bremer. Jürgen Bremer war jetzt auch mal im Gefängnis, wurde dann sehr erfolgreich, hat eine Menge Geld verdient, war jetzt nicht so eine Person, mit der ich sofort connected habe und habe gesagt so, habe gesagt so, ja Mensch, wow, da sind wir jetzt also richtig gut, ich denke, er wird mich auch nicht mehr einordnen können. Er hat ihn schon immer ziemlich geknallt, ich fand ihn natürlich dafür, dass er ein Fliegengewicht ist, wirkt das halt auch neben Mike und neben den anderen beiden aus, Schwerin, die wogen auch beide über 120 Kilo oder so, da sah der ja schon in der Mitte recht komisch aus. Aber immer wieder, wenn der in der Heimat geboxt hat, konnte er so eine Art eigene Security mitbringen oder Leute, die bei ihm an der Ringseite sind und als Security einen Auftrag haben, da haben wir als Security-Auftrag einen Auftrag bekommen. Da hat er in der Stadthalle in Rostock geboxt und da waren wir auf dem Weg, da waren wir auf dem Weg nach Rostock und waren mit denen und haben da natürlich so ganz schön einen Haken gemacht und das, was ich dort erlebt habe, war für mich, für ihn als Profiboxer so zu sehen. Also kommt so eine Entourage, da waren wir in so einem Restaurant unten am Stadthafen, so Italiener in so einem Glashaus oder so, ja, irgendwo da in der Nähe vom Kartoffelspeicher, irgendwelche Rostocker können das hier unten ja kommentieren. Und dann waren wir da an diesem Speicher und haben da gefeiert. Mittags war ich natürlich, wenn ich abends schon essen gehe, waren wir mittags natürlich essen. Bei meinem Stamm-Italiener in Wismar war ich essen und ich hatte mich schon gewundert, okay, mittags hat mir das nicht so gut geschmeckt und dann waren wir unterwegs, dann waren wir auf dem Weg nach Rostock und haben dann den Trainerstab getroffen, Jürgen Bremer getroffen, die beiden aus Rostock, alle ganz wichtig, alle natürlich dann Pro, Come, Fight und so weiter. Und das war natürlich dann schon eine ganz krasse Sache, so das Auftreten war ganz wichtig. Ich habe gedacht so, Jürgen Bremer, der lässt sich abends in den Schlaf massieren, macht noch eine letzte Einheit irgendwie am Sandsack, Kameras und lässt sich dann in den Schlaf massieren, in der Meditationsmusik, auf den Gegner einstimmen, taktisch durchgehen mit dem Trainer. Wir sitzen am Tisch und er kommt durch die Tür und bestellt sich erst mal am Essens-Tisch, hat er sich was zu essen bestellt und hat irgendwie irgendwas Alkoholisches, ich will jetzt sagen Jackie Cola oder so getrunken und wir saßen an dem Tisch und ich sage zu den beiden da aus Schriechen, und dann sage ich so, ich sage, der Boxsmong oder was? Ja. Okay. Und dann saßen wir bei diesem Italiener, nächsten Tag war dann dieser Kampf und wir saßen einen Tag vorher, saßen wir mit Rostock zusammen, so als Crew und wie gesagt, dieses Posen, ganz wichtig, nicht nur Autos, Uhren, Knarre, Klamotten, Sondern natürlich auch Gang, ja, das sind meine Leute, der andere Boxer bringt vielleicht auch irgendwas mit, wenn er auch dazu eine Affinität hat, einen Hang dazu oder so und dann haben wir da den Arm verbracht und dann wurde reingeschüttet, erst haben wir gegessen und wir haben reingeschüttet und dann das erste Mal wurde ich dann angesprochen, Mensch, ähm, wie soll denn der Abend jetzt ausgehen? Ne? Und ich so, äh, hab ich nicht verstanden, hatte ich noch keinen, wirklich keinen Bezug dazu und hier an diesem Abend, ist noch nicht passiert, sind die auf Klo gegangen und haben jetzt, also, ich hab nicht den Boxer dabei gesehen, den will ich da nicht in Schmutz ziehen, nicht, dass das das heißt, ich hab das behauptet, das war nicht so, aber schon, die fast alle drumherum von diesem Tisch sind auf Klo gegangen und haben dann gekokst und ich so, ja, nee, abgelehnt, abgelehnt und ich sagte so, ah, nee, also das schlägt mir auch irgendwie auf den Magen und so, äh, was schlägt dir denn auf den Magen und dann sag ich so, ja, weiß ich auch nicht, ähm, hab das dann gesehen und dann waren die immer alle auf Klo und dann waren, dann waren die auf, dann waren die auf Klo und, ähm, natürlich, dann hast du ja so da oben, ja, also ein gewissen Restaurant, so ein gewissen Bar, darfst du oben nicht am Fliesenspiegel irgendwie lang gehen, ja, nicht, dass die Leute immer denken, das ist nicht gut sauber gemacht oder der Pizzabäcker eine Pizza drauf gemacht, sondern, da drauf wird natürlich gekokst, da drauf wird dann, äh, das drauf gepackt, wird klein gemacht mit der Karte, zusammengeschoben, zusammen gehäufelt und dann weggezogen mit dem Schein oder sonst was oder werden Ruhchen selber mit hat, ja, ist gang und gäbe, die meisten spülen dann dabei, damit man das Ziegel-Geräusch nicht hört und so weiter und, ähm, ich bin auf jeden Fall mit auf Klo gegangen, hab so abgelehnt, ich sag so, ah, nee, 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 also, ich bin gerade in einer schönen Sucht, hab ich natürlich nie zugegeben, dass ich so gerade in der Spielsucht bin und, äh, hab dann gesagt, nein, 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 möchte ich nicht, aber ich müsste trotzdem mal mit rein und dann bin ich so mit denen mit rein und dann hab ich denen so zugeguckt beim, beim, beim Ziehen und hab dann gesagt, so, Jungs, ihr müsst, äh, also, äh, äh, bitte verpisst euch sofort mit eurem Scheiß-Kokain, ja, verpisst euch hier einfach raus und, äh, alle die Tür zu und alle so, ja, ich soll mal chillen und so, und, ähm, was da passiert ist, das erzähle ich euch beim nächsten Mal, Leute, ihr dürft gerne abonnieren, ihr dürft gerne Glocke, Glocke, Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert gerne und so weiter, wir kommen bald in die Rocker-Serie rein, ich muss hier ein bisschen improvisieren, jetzt hier zur Zeit noch mit der neuen Tapete, Wohnzimmer und so weiter, ähm, ihr dürft gerne Kanalmitglieder werden, ja, dass ihr immer Hintergrundinfos habt, dass ihr den Kanal supportet mit, ähm, Interviews und so weiter, neue Technik ausbauen, aber das liegt euch völlig frei, das könnt ihr über Patreon machen oder über die Kanalmitgliedschaft hier unten drunter, die Livestreams unterstützen, ähm, ihr dürft gerne in den Verein eintreten, Extremisslos e.V. ist der Verein hinter diesem Projekt, ja, was soll ich noch alles sagen, Dankeschön, dass ihr immer dabei seid, dass ihr hier so treu dabei bleibt, ich muss mich gerade echt quälen, in dieser Phase, es ist nicht immer nur Attacke, Juhu, YouTube, jetzt muss ich mich auch ab und zu mal durchquälen, das zu machen, jetzt, äh, besonders in dieser Phase, wo ich ein bisschen K.O. bin, also seht mir das ein bisschen nach, bleibt nett in den Kommentaren und ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste. Moin Leute, da melde ich mich mit dem 23. Teil, Multikriminell, ich habe ein bisschen auf mich warten lassen, aber wie ihr hört, es wird wahrscheinlich riesig hallen hier, äh, Mikro ist dran, muss ich gerade auch mal kontrollieren, die so lange habe ich schon nicht mehr aufgenommen, also Leute, aber ist ja immer ein One-Taker und, ähm, ohne Schnitt, meistens ohne Schnitt auf jeden Fall, Rudolf hängt hier auch gerade ab, also kann sein, dass heute ein Schnitt kommt. Ja, ich schaffe es endlich wieder, wir sind stehen geblieben, wir sind in Rostau, wir sind, äh, als Security bei einem Jürgen Bremer Kampf und, ähm, wir gönnen uns den Abend, es, ähm, es wird viel getrunken, es wird, äh, es werden, äh, Drogen konsumiert und, äh, wir gönnen uns einen schönen Abend und freuen uns auf den nächsten Tag und, ja, was ist bei, was ist bei mir los? Ich bin auf Klo, einige ziehen ein paar Drogen, alles, und ich sage alle raus, 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 raus und, ähm, anstatt, dass ich, äh, wie später, leider, muss ich ganz ehrlich sagen, dann, äh, auch Kokain konsumiert hat von einem schönen, dreckigen, äh, Klo, Fliesenspiegel, wo man alles zusammenkratzt und sich das dann, äh, in den Körper hochzieht, naja, wenn ich jetzt schon drüber nachdenke, wird mir ganz schlecht, aber, na gut, was soll's, auf jeden Fall stand das für mich da noch nicht zur Debatte, ich hab da auch noch keine Drogen selber konsumiert und, ähm, ich musste was ganz Klassisches machen, ich dachte, ich sag's mal ganz, ich dachte mir, platzt der Arsch, ich saß wirklich auf Klo, jetzt können die Leute sagen, ja, was hat das mit Multikriminell zu tun, es ist, aber, es sind ja genau die Anekdoten hier, die kaum irgendjemand erzählen würde, was dann auch passiert, dass auch ganz menschliche Dinge passieren, ich konnte mir das gar nicht erklären, ich bin auf Klo gegangen, ich will nicht sagen eine Explosion, aber, es ist kurz davor, es ist auch peinlich, dass ihr es hier so dazu erzählt habt, was ein ganz menschliches Bedürfnis ist, also, ich raus, Schweißausbruch bekommen, ich saß, ich saß am Tisch mit, äh, ich sag erstmal, nix zu essen, willst du was trinken, hab ich noch versucht, ein Bier zu trinken oder irgendwas und ich so, ne, Magen gegrummelt, ich zurück, ich wieder alle raus, 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 ich sag, ich sag, das wird so schlimm, ich sag, keine Ahnung, ne, ich saß, ich konnte den Abend überhaupt nicht mehr genießen, mir ging's, mir ging's, ging's Hunde, Elend ging's mir und natürlich für alle anderen drumherum, äh, war das relativ scheißegal. Ich hatte immer den Vorteil, dass, äh, Mike gefahren ist, weil, der hat kaum Alkohol getrunken, ähm, ganz selten, vielleicht mal ein Alzer, fehlt mal ein Alzerwasser oder sonst was, aber nicht viel mehr und deswegen war er auch oft Fahrer, er hat aber immer abgekotzt, wenn er dann gefahren ist natürlich, weil wir uns völlig gegengelassen haben, ist es auch anstrengender als Autofahrer, glaube ich, ich hab solche Erfahrungen nicht, aber kann ich mir so gut vorstellen. Und, äh, ich sag, ich muss nach Hause, ich sag, keine Ahnung, fahr morgen hier wieder hin oder sonst was, ich sag, ich muss nach Hause. Da hat er, der ersten ein, zwei haben wir gesehen, auch ich bin kreidebleich und, äh, im Auto, ich sag mal so, ich musste unter allen körperlichen Anstrengungen, musste ich's zurückhalten, bin dann zurück nach Wismar gekommen, ich hatte damals, äh, eine, eine junge Freundin, die war fast, ähm, fast zehn Jahre jünger oder neun Jahre jünger, ja, kann man natürlich drunter kommentieren, ja, gibt's dann immer die Beleidigungen und so weiter, aber ich hab das, äh, ganz oft im Milieu und auch in der, besonders wenn man Hang zur Kriminalität hat und, äh, mit Milieu und so weiter, dass die Frauen schon extrem jung sind oder meistens zehn, fünfzehn Jahre jünger sind. Das ist so eine Erfahrung, die ich da gemacht habe. Er hatte eine ganz, eine ganz, äh, eine relativ junge Freundin und, ähm, ja, hatte dann auch schon, äh, so teilweise bei mir gewohnt, immer mal so übernachtet, aber dazu kommen wir dann ja noch. Und, ähm, ich bin nach Hause gekommen, ich hab gedacht, Wahnsinn, also, bin, 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 bin ins Bett, hab gesagt, oh, wie siehst du aus? Keine Bleich und ich bin auch so ein Typ so, ich latsche jetzt nicht zum Arzt, nur weil ich mal irgendwie ne Kleinigkeit hab, ja, oder, oder mir geht's nicht so gut, dann lege ich mich ins Bett oder auf die Couch, kurier das so ein bisschen aus und dann muss das erstmal reichen. Ich ins Bett und dann immer wieder, alle, alle paar Minuten, alle paar Minuten irgendwie, irgendwie auf Klo. Und, ähm, ich, das war immer eine enge Kiste, dass ich da hinkomme und, äh, ich erinnere mich noch, wie die anderen betrunkenen nach Hause kamen. Wir hatten dann ja mittlerweile so gewohnt, so auf einer Ecke, viele von uns, im Musikerviertel in Wismar und dann hatten die noch auf dem Parkplatz rumgeschrieben, was denn mit mir wär und ob ich nicht schön was essen will, ja, wie das so ist, dann zieht man sich so ein bisschen auf, macht sich lächerlich. Das war immer eine Sache, mit der konnte ich ganz gut leben. Natürlich gehört dieser Spaß dann auch mit dazu, ähm, weil sonst wäre ich ja nicht auch so lange bei diesen Szenen mit dabei geblieben, dass es dann natürlich auch schon viele Sachen gab, worüber man lachen konnte. Ich war im Bett, ich hab die gehört, wie sie rumgebrüllt haben, sie von unten wieder gebrüllt, dü und ball und was weiß ich, was sie dann so alles gebrüllt haben, womit man mich dann aufziehen kann und ich sag so, nee, das geht gar nicht. Ich hab noch einmal vom Balkon runtergebrüllt, ich sag, nee, das geht gar nicht. Ich hab dann, ich hab dann versucht irgendwie, ähm, ich hab dann noch so Schüttelfrost dazu bekommen, ja, irgendwie drei Decken auf dem Körper, dann wieder runter, Schweißausbruch, wieder rauf, keine Ahnung, war eine ganz neue Erfahrung für mich. Ich sag, was war das denn? Alter, keine Ahnung, irgendwann sagte dann, meine damalige Perle sagte dann so, ja, jetzt wird vielleicht Zeit, dass du irgendwie mal ins Krankenhaus fährst oder so. Ich sag, ja, keine Ahnung, Alter, weißt du, und dann, wenn man dann merkt, dass der Körper dann immer wieder auf Klo muss, ja, oder dass man immer wieder auf Klo muss, weiß man, da ist irgendwas los. Also ab ins Krankenhaus, ja, ich hin, Notaufnahme, ja, stellt man sich da auch hin und sagt so, ja, warum sind Sie hier, ja, man stellt sich ja Notaufnahme so vor, hier, Arm ab, hier, gucken Sie mal, ja, sofort Ärzte und sonst was, ja, und dann kommst du in der Notaufnahme an und sagst irgendwie, ja, ich, ich muss regelmäßig auf Toilette, dann sagen sie ja, viel, Gratulation zu hier im Stuhlgang, aber von der Worte sind in der Notaufnahme. Naja, auf jeden Fall hin da und irgendwie erzählt, ja, ich muss immer auf Klo und mir geht's Hundeelend, Schweißausbruch und ich sag, war auch Kreidebleich mittlerweile, bin ich in so ein Behandlungszimmer gekommen, erst mal, ja, Blut abnehmen und sonst was und dann schon eine halbe Stunde später waren die dann so mit ihren Anzügen drin und, ähm, haben dann gesagt, ja, Verdacht auf Salmonellenvergiftung und, ja, dann lag ich da und ich so, wow, okay, gleich am Tropf bekommen, weil man so dihydriert, wenn man dann so oft auf Klo sprinten muss, ja, da darf man nicht zweimal überlegen, ja, ähm, und, ähm, los, los ging's, bin ich aufs Zimmer gekommen und das war meine Erinnerung an, äh, äh, Boxen, Profiboxen und so weiter, dass ich danach im Krankenhaus lag, äh, unter Quarantäne lag ich da und, ähm, ich war ja glücklicherweise Privatpatient und, äh, wurde dementsprechend da auch gut behandelt, äh, bin ich ja heute nicht mehr, auch aus Überzeugung und, ähm, ja, dann war ich auf jeden Fall, äh, ein paar Tage im Krankenhaus und das ist so, das sind so Storys, die man so erzählt, die ja kein anderer, glaube ich, so auspacken würde, wenn man sagt, man fährt irgendwo hin zum Boxcamp, war alles cool und einen Harten gemacht und alle Leute abgegrüßt und so weiter, während die das gemacht haben, lag ich im Krankenhaus, hab mir die Seele aus dem Leib geschissen, so einfach ist das, ja. Was war sonst noch alles los? Es ist, ähm, relativ viel passiert, wir haben ja jetzt in der Kriminalität sehr, sehr viele, ähm, Beziehungen geknüpft, viele Kontakte sind gekommen, ja, ich hab gesagt, es gab so die ersten Beziehungen, so und diese Rockerschiene, da gab es gerade ganz viel Veränderung, in Deutschland war viel los mit dieser Rockerszene und ich hab mich dafür schon interessiert, ja, also, ähm, dass ich gedacht hab, okay, das, äh, da, da bin ich schon anfällig für, aber erst mal waren noch die Drogen in meinem Leben, auch immer noch nicht als Konsument, aber ich hab gesehen, okay, das ist finanziell hier schon ein schönes Spiel, immer ausgeblendet, ich hab mich nicht mit dem Strafen beschäftigt und so weiter und, äh, da hab ich mich dann auch sozusagen drauf gestürzt. Zwischendurch ist es noch so dazu gekommen, ich hab euch das ja bei Multikriminell schon erzählt, auch der, der Mike hat ja immer mit, äh, Ziggis, mit Jingling, äh, gehandelt und so weiter und, äh, da ging es dann auch immer wieder weiter, aber, apropos, und ich will das Video jetzt nicht neu anfangen, eine lustige Anekdote, die auch mit den Jinglingen jetzt zusammenhängt, ist natürlich, also, ich bin immer nicht zum Arzt gelaufen, wir haben uns meistens selber therapiert und dazu sind wir gekommen, weil, wo wir mit dem Drogenhandel angefangen haben, ist es so, dass wir auf einen Apotheker in Wismar, ähm, gestoßen sind und, ähm, der, ähm, der war oder ist homosexuell, ich weiß, der wird in die Ermittlungen wahrscheinlich von uns mit reingekommen sein und, äh, der hatte über uns dann, äh, Drogen gekauft, der hat über uns Drogen gekauft, ja, da, äh, da fragt man sich immer, wie kommt man dazu, das werde ich dann auch ganz oft gefragt, ja, wie kommt man dazu, dass man dann irgendjemand, ja, also, ähm, aber es ist immer so, jemand kennt jemanden, der jemanden kennt und die kann man, den kann man fragen, da weiß ich, die haben die Connected dahin oder der macht das und das, ja, also, also der wird einen Bekannten gehabt haben, der gesagt hat, ja, hier der Schlaffer und der Mike, die machen hier, die machen das, die können hier mit Sicherheit was besorgen und so weiter oder der Tom hier, Scusi, Scusi, ja, also alle möglichen Verbindungen, die da waren ähm, und dann ging das immer von Mund-zu-Mund-Propaganda, so einfach ist das leider, ja, also da braucht man, das ist kein Hexenwerk und der dann auch so ganz vorsichtig, da hatte man, da ist dann Mike dann immer hingefahren und der hatte mit seinen Apotheken, hatte der richtig, richtig viel Geld gemacht, man sagt ja generell, Apotheker, äh, hat das Arzt, äh, das Medizinstudium nicht geschafft, aber verdient mehr Geld als der Arzt, ja, ist das so ein Strichwort, ja, kann ja jemand drunter schreiben oder habe ich da jetzt was Falsches gesagt, aber so irgendwie, so ging mal, hat das mal irgendjemand gesagt, na gut, und, ähm, der hatte dann immer wieder Drogen besorgt und wenn man das dann weiß und du baust einen Kontakt mit denen auf und der hatte dann auch, der hatte dann auch so gewisse Fetische, ja, also, der war homosexuell, war zwar in der Partnerschaft und, äh, die haben da jetzt auch kein Hehl draus gemacht, wo ich auch sagen muss, zu diesem Zeitpunkt schon, Hashtag no hate gegen, gegen Homosexuelle, war mir völlig scheißegal, wer mit wem was macht, hier ging es nach wie vor nur um Macht, nur um Geld, alles andere egal, keine Moral, keine Empathie, alles drauf geschissen. Und, ähm, ja, dann, dann, dann treten wir halt auch mit so, mit so Vorschlägen an den Heran, und ich weiß noch, wie wir einmal mal unterwegs waren und haben wir, haben wir die getroffen, Maik hatte das Gespräch geführt dann, wo sie dann sagten so, ja, die würden dann irgendwie so einen, so einen, ähm, so einen Lustknaben suchen. Ja, und dann erst mal, erst mal so, ja, okay, pass auf, Digga, haben wir erst mal, ich bin mit Maik auch erst mal im Auto gesprochen, ich sag, pass auf, also, Moral hin oder her, aber auf eine Schiene werden wir uns nicht begeben, dass wir jetzt irgendwie hier irgendwas mit Kinderpornografie oder irgendwelche Lustlinge, Molche, mit Jugendlichen oder sonst irgendwas machen, da habe ich keinen Bock drauf, und auch hier kein Menschenhandel irgendwie, aus älmeren Ländern irgendjemand holen, den die im Keller einsperren und so weiter, da war für mich absolute Grenze nicht, weil ich jetzt hier, ja, das ist immer so, sondern, das wäre eine Sache, die hätte ich moralisch nicht vertreten können, und ich hatte ganz wenig moralische Werte zu diesem Zeitpunkt noch, aber das war eine Sache, die Grenze wollte ich nicht übertreten, und dann so, wir hatten uns sowieso immer lustig gemacht, ja, wenn wir uns irgendwie losgefahren sind und sagt so, ja, lass mal nur an der Wand langgehen und so weiter, es sind halt schwulenfeindliche Witze damals gewesen, ich bin heute ja auch noch mit, äh, mit jemand Homosexuelles befreundet, die können dann meistens mehr drüber lachen, als vielleicht irgendjemand, der das von außen, der das von außen dann beurteilt, aber es ist auf jeden Fall, ähm, jetzt so, dass, äh, wir da hingefahren sind, und dann sagten sie so, ja, für ihre Beziehung, die hatten sich dann auch so einen Raum gebaut, wo sie dann so mit, mit, mit rumspielen, und, äh, sie würden dann jemanden suchen, der deren Beziehung dann so ein bisschen aufpeppen würde, und dann haben wir gedacht, ja gut, okay, dann haben wir da geholfen, wir haben da ein bisschen uns umgehört, ja, wir kannten auch, äh, wir kannten auch zwei, drei aus dem Umfeld, die auch homosexuell waren, dann hört man sich um, also, muss man sich mal vorstellen, nur um Hauptsache Geld zu verdienen, hört man sich dann irgendwie um, um, äh, um das zu vermitteln, um da dann Geld abzugreifen, oder Beziehung zu haben, wir haben uns umgehört, und dann, hatten uns halt auch mit zwei, drei Schwulen getroffen, und haben so gesagt, ja, würdet ihr das machen, die würden auch Geld bezahlen, und so, ja, wie viel würden die bezahlen, ja, weiß ich nicht, 200, 500 Euro, oder 1000 Euro, weil du mit denen das Wochenende verbringst, aber, dann musst du auch Sachen machen, von denen habe ich noch nie gehört, und, möchte ich auch irgendwie nicht, mich irgendwie reinlesen, oder im Internet durchklicken, ja, habe keinen Bock danach, damit im Internet bombardiert zu werden, ja, aufzubauen, weil es ging dann auch darum, haben wir zu diesem Apotheker, die Beziehung aufgebaut, erstens war er jetzt in unserer Hand, durch die Drogen, dann durch dieses Vermitteln, von irgendwelchen Lustknaben, ja, und dann war das auch so, dass da so irgendwelche 20, 25-Jährigen, die dann auch gesagt haben, ja, würde ich machen, ich fahre da hin, zeig mir die mal, und dann, doch nicht, wir haben auf jeden Fall immer die Kontakte weitergegeben, haben das dann nur so vermittelt, aber hatten dann jetzt so ja, den Apotheker dran, und dann ging das erstmal so los, dass wir angefangen haben, dass wir angefangen haben zu sagen, gib uns, ich bräuchte mal ein Antibiotikum, ja, und dann, ja, überhaupt kein Problem, hat er Antibiotikum gegeben, ich habe mir da überhaupt keine Gedanken gemacht, dann habe ich jedes Mal, wenn ich dann so nur leichten, wenn ich gemerkt habe, ich werde leicht erkältet oder so, habe ich mir dann Antibiotikum reingeschmissen, ich habe, ich habe Magen, Magenschmerzen, ich habe mir irgendwas eingeschmissen, ja, habe mir dann Tabletten da geben lassen, da ging auch eine ganz schöne Schnellfahrt los, das ging dann auch los mit, mit Schlaftabletten, ging jetzt hier schon los, hier wäre, ich war jetzt hier schon in diesem Modus so drin, ich habe das selber ja gar nicht registriert, und das werden wahrscheinlich einige wieder kennen, könnt ihr wieder Hashtag Kennich drunter machen, würde mich mal interessieren, wer das so alles kennt, man glaubt ja, es läuft alles super, und wenn alles super läuft in sowas, dann macht man sich Sorgen, und wieso läuft das alles so rund, ja, wo sind die Bullen, wo sind die anderen, wieso sind keine Probleme, so ein Lauf ist man einfach nicht gewöhnt, und dann abends, wenn man dann zur Ruhe kommt, den ganzen Tag ist man unterwegs, morgens, morgens, Frühstück, Sport, dann geht man Mittag essen, trifft sich mit irgendwelchen Leuten, geht in den Spielhof, verballert Geld und so weiter, macht einen auf hart, läuft so durch die Gegend, man denkt, man ist der beschissene King Kong, und abends, wenn man zur Ruhe kommt, dann sagt das Gehirn aber trotzdem, ja, das macht ja nicht, das macht ja den King Kong nicht mit, dann sagt das Gehirn auf einmal doch so, ja, denkt man an das, denkt man an dies, vielleicht werdet ihr doch da erwischt, kannst du dem vertrauen, und was ist, wenn der was rausplappert, und der, und dann ist absolutes Kopf, und dann lag ich manchmal wach, lag ich ein, zwei Stunden wach, das war schon zu dieser Zeit, dass ich wach lag, und dann habe ich gesagt, halt zur Apotheker, zu Maike gesagt, ich sage, besorg mir mal von dem einfach mal Schlaftabletten, naja, da habe ich angefangen Schlaftabletten abends zu nehmen, ja, diese ganzen Medikamente, und man wird ja auch, das ist ja das Problem mit den vielen Antibiotika, dass wir jetzt langsam da immun werden, oder die Viren werden dann hingegen resistent, naja, keine Ahnung, ich will nicht hier Virologe sein, da werden wahrscheinlich wieder bei YouTube eine Million, eine Million Ärzte, Virologen und sonst was unterwegs sein, ja, Maske auf, schützt euch, okay, und eure Lieben natürlich, und, ja, so ging das dann mit denen vorwärts, und natürlich sind wir da auf eine Beziehung auch gestoßen, der auch Testosteron und andere Sachen besorgen konnte, und da wussten wir jetzt, okay, das ist zur Behandlung von, das ist zur Behandlung von Leuten, die einen zu niedrigen Testosteronspiegel haben, und so weiter, ich kenne mich mit der Sache nicht aus, aber jetzt hatten wir natürlich so einen Kontakt, wo wir gesagt haben, okay, den kann man immer gebrauchen, für alle möglichen Sachen, lass ihn da seine Sexualität ausleben, und dann soll er hier seine Drogen nehmen, da waren wir auch noch nicht im Kokain-Geschäft, kommen wir auch wieder später zu, ja, genug getriggert heute, und auf jeden Fall wussten wir jetzt, die Konecke, die mussten wir behalten, und die haben wir auch eine sehr, sehr lange Zeit benutzt, ist dann auch immer wieder viel tiefer verstrickt worden, ja, hat das dann auch gar nicht gemerkt, mit welcher Abhängigkeit er da gekommen ist, oder wie der sozusagen seine Existenz aufs Spiel gesetzt hat, das ist dann ja auch immer ganz spannend, die blenden das ja auch aus, und denken, das ist alles immer irgendwie ein Spiel, und cool, und nicht erwischt werden, und wenn, dann kann ich sagen, war ich nicht, habe ich nicht, und alle anderen immer, ja, und dazu muss ich auch sagen, besonders so eine Leute, die sich auf so ein Spiel einlassen, das habe ich immer wieder erlebt, aus der Politik und aus der Wirtschaft, die wundern sich dann, wenn Kriminelle die über die Klinge springen lassen, ja, ist doch scheißegal, der Arsch ist immer näher als die Hose, das habe ich, das ist ein eisernes Prinzip, und das war hier natürlich genauso, und haben uns dann die Sachen da besorgt, Mike war parallel immer wieder unterwegs, und dann ging es wieder um den Ali mit diesen Zigaretten, der hatte aus Schwerin, hatte der ja so eine Art Vertriebssystem aufgebaut, mit Ziggis und Drogen, Waffen, alles mögliche, hat richtig viel verschoben, war in aller Munde, hat ja dieses indische Restaurant betrieben, und so einen Dönerladen, und ja, da hatte Mike dann ja seine Zigaretten geholt, und die haben sich ganz gut verstanden, Mike hatte sich immer wieder mal, also auch so für ihn eingesetzt, ja, wenn mal irgendwo Geldschulden war, dann ging das so, dass Mike dann gesagt hat, okay, ich frage da mal nach, und wir klären das, und wir gucken mal nach, und so ist dann so eine Art Vertrauensbasis aufgebaut worden, keine Freundschaft, damit wir das hier auch so wirklich verstehen, dieses Freundschaften in kriminellen Milieus, ist einfach, ist einfach, ist für mich nicht existent, ja, es gibt die einzelnen Leute, die vielleicht bekannt sind, sich ein bisschen leiden mögen, aber wahre Freundschaften in diesem kriminellen Milieu sind sehr, sehr, sind sehr, sehr selten, ja, es ist alles viel Netzwerken, alles auf den eigenen Vorteil bedacht, und wenn man jemanden abziehen kann, dann kann man es auch versuchen, man verabredet sich auch gegen andere, und so weiter, aber hatten wir auf dem Kanal ja schon des Öfteren. Mike ist dann auf jeden Fall so weit gekommen, hatte dann gesagt, okay, der hatte dann auch immer mal Drogen verkauft, die haben getauscht, Sachen, ja, also alles hin und her, wie so ein, wie so ein Bazar für Kriminelle, du gib mir du das, dies, das, und Ziggis, Gras und Waffen war, 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 war der Großteil, und Mike hatte sich dann von ihm, meine ich 35.000, 35.000 Euro geliehen, und hatte davon, davon ein Haus gekauft, das hatte ich auch gar nicht so mitbekommen, das hat er dann gesagt, hat er dann über einen Familienmitglied von sich, hat er das Haus kaufen lassen, weil er schon wusste, okay, pass auf, wenn ich ein Haus kaufe, das wusste ich ja bei mir auch, wenn ich ein Haus kaufe, dann, dann meldet das vielleicht das Grundbuchamt, oder Notar, LKA ist dran, ja, organisierte Kriminalität, die gucken, wieso hat der ein Haus gekauft, und da, hm, wohnt er nicht, er saniert nichts, was kommt da rein, da wussten die schon, okay, so Häuser, ähm, mit Drogen, aber da war er auf jeden Fall schon mal unterwegs, und hatte dann dieses, äh, hatte dann dieses Haus gekauft, hatte sich das Geld von dem Inder geliehen, aber so geht man jetzt auch nicht zum Notar, und, äh, oder Pakistaner war er, glaube ich, Entschuldigung, äh, Pakistaner, hat sich das Geld geliehen, äh, der war ganz froh, irgendwie Geld loszuwerden, der hat es sonst alles immer in die Heimat geschafft, aber hat sich natürlich dann das auch gut verzinsen lassen, er hat gesagt, ja, äh, ich gebe dir 35, gibst du 45 zurück in neun Monaten, ja, mit Drogen, alles kein Problem, da geht man auch nicht zum Notar, setzt das auf, macht einen Kreditvertrag, oder einen Darlehen, oder was weiß ich, ja, alles per Handschlag, und dann über die Familie das gekauft, und, ähm, ja, dann sind wir irgendwann hingefahren, irgendwann hat er mir das Ding gezeigt, dann kann man sich vorstellen, wenn man ein Haus für 35.000 Euro kauft, äh, wie das aussieht, wir fahren da hin, ich gucke mir das an, ich sage, äh, das ist auch kein Haus, ja, das war wirklich, äh, die unterirdischste Bruchbude, die ich seit langem gesehen hatte, und, ähm, war erst mal gar nichts mit so anzumachen, und Maik dann so im Auto groß, äh, groß nachgedacht, ja, wenn wir das erst mal ausbauen, und dann kommt da die Grasanlage rein, schön ab, äh, abseits gelegen, raus von Wismar, am Dorfende, ja, mit so einem Feuerplatz hinten drauf, da kann man dann die Reste vom, vom, vom Gras verbrennen, und so weiter, und ich sage so, ja, aber erst mal 35.000, ja, scheiß drauf, da stotter ich irgendwie ab, wenn das jetzt erst mal in Gang kommt, mit, äh, mit dem, äh, Drogenhandel mit Bremen, und wenn ich dann selber einen baue, und dann, äh, große Pläne, große Pläne, und, ähm, kaum ist das Geld geflossen, äh, kriege ich morgens irgendwie um sieben, oder um acht, kriege ich einen Anruf, äh, mit einer Nummer, die ich nicht kenne, eine andere Nummer, ist der Maik dran, und sagt, scheiße, ich habe eine Hausdurchsuchung, ja, scheiße Hausdurchsuchung, ich hatte keine gehabt, und da habe ich mich schon, habe ich mich schon gewundert, okay, was kann das sein, er hat ja ein paar Sachen auch so gemacht, habe ich mir gedacht, okay, erst mal selber ans Fenster ran, und gesagt, scheiße, äh, wenigstens hat es, äh, wenigstens hat es mich nicht getroffen, kann man ganz ehrlich so sagen, äh, bei mir haben die Leute dann auch immer gesagt, so, ja, oh, Pech, du hattest schon wieder Hausdurchsuchung, ich sage, ja, wenn es dich so belastet, dann kannst du dich ja gerne beteiligen, wenn ich einen neuen Rechner oder ein neues Telefon kaufen muss, ach nee, so doll belastet mich das nicht, ja, also, äh, und dann sagtest du, ja, okay, lass treffen, und dann, ja, okay, ich sage, ich sage, du bist frei, kein Haftbefehl, pass auf, die haben, äh, die haben mich fotografiert, wie ich mit blauen Müllsäcken, wie ich blau bei, äh, wie ich mit blauen Müllsäcken bei Ali, äh, aus dem Lager rausgekommen bin, ich denke, ich denke mir, ja, okay, blaue Müllsäcke, und dann sagt er so, ja, die haben halt, also, die wurden dann verpackt, und so blaue Müllsäcke, da kamen dann die Stangen, also die Jingling Stangen, die waren immer, also nur, ähm, die waren ohne diese, ohne Pappe drumherum, das waren nur die blanken Schachteln oft, und dann einfach nur so mit Tesafilm, äh, verbunden, so zu 10 Packungen, ähm, und dann sozusagen als Stangen, und die wurden dann so in blaue Müllsäcke gestopft, was weiß ich, wie wir da reinpassen, 50 Stangen oder so, und dann oben zugemacht, und, ähm, da hat die Polizei Mike abfotografiert, wie er diese Stangen dann, wie er diese Stangen ins, äh, Auto getragen hat, hatte dann daraufhin eine Hausdurchsuchung gehabt, bei Ali wurde auch zugeschlagen, glücklicherweise hat er mich aus dem Zigarettengeschäft ganz rausgehalten, halt das mit Jingling da irgendwie verkaufen, um an einer Stange 4 Euro zu verdienen, und dann war ich kein Bock drauf, mir die zu Hause zu lagern, halt, das, das, das war nicht meins, und, ähm, da wusste ich auch, wenn es da eine Steuerstrafe gibt, da langen die hin, und das ist nicht nur die Steuerstrafe, sondern, also, eine, sowieso eine Gerichtsstrafe, eine Steuerstrafe, und nochmal, äh, nochmal Geld auf, würde auf jeden Fall eine sau teure Sache, ja, also, und, äh, Zigarettenschmuggel wird teuer, und, äh, vorher war ja noch alles geplant, aus Polen, LKWs und so weiter, da hätte ich mich wieder zu bereden lassen, weil Gier frisst Hirn mal wieder bei mir, und, äh, und dann sagte ich so, ja, okay, aber was ist, äh, was haben die jetzt bei dir gefunden, dann sagt er so, ja, irgendwie, was sind die nicht, 150 Stangen oder so haben die gefunden, ich sage, ja, das kann man ja aber, das kann man ja verkraften, ne, und dann sagt er so, ja, die haben Fotos und so weiter, und haben mehr gesehen, und, ähm, ich, das habe ich ja mal gesagt, so, die Suchungsbefehle, da steht ja immer mehr drauf, wir vermuten, dass Herr Maik, äh, so und so, ähm, Zigaretten im großen Stil, äh, hier, äh, vertreibt, und, äh, von Herrn Ali, äh, aus, äh, Pakistan, die dann abnimmt, und so weiter, und wird immer hochgerechnet, okay, wir haben Herrn, äh, Maik, äh, jetzt zweimal gesehen, mit, äh, großen Müllsäcken raus, und dann wird das hochgerechnet, was so sehe ich, die machen das seit zwei Jahren, jede Woche, weiß ich, 200 Stangen, äh, das sind dann, äh, 104 Wochen mal 200 Stangen, oder was weiß ich, oder so, ja, also, da können Beträge rauskommen, da schlagert man mit den Ohren, da braucht man, da braucht man sich auch nicht hinsetzen danach, und dann sagen, ah, nee, so war das nicht, in den blauen Müllsäcken war dann, äh, Gartenabfall und so weiter. Bisschen was müssen sie schon beweisen, aber sie hatten ihn nur zweimal ermittelt, und, ähm, die größte Sorge war jetzt natürlich von, äh, von Maik, und auch ich bin da jetzt mit reingerutscht, ja, wo ich gesagt habe, ja, du weißt, wie sein Lager aussah, der hatte, äh, der hatte da Kokain, der hatte Haschplatten, der hatte Gras, der hatte Waffen, ja, der hatte Jingling, LM-Zigaretten, ja, also, das, das, das könntest du einem Film nicht besser nachstellen, wie das da drin aussah, und ich sagte so, ja, also, du weißt schon, was du mit dem alles gemacht hast, und wenn der mit dem Sachen alles erwischt wird, äh, dann werden die Cops eher scharf darauf sein, äh, wer, welche wie wo Waffen gekauft hat, die Kokain-Kunetsche, die ganze Vertriebsstruktur und so weiter, und der, äh, der geht da hin, und der sagt, ich bin hier Herr A aus Pakistan, und ich mach hier, ich mach hier eine Mücke, der hat ja sein Geld auch immer nach Pakistan geschickt, außer natürlich die 35.000, die er, äh, Maik gegeben hat, aber hat alles immer in die Heimat geschickt, ist da auch immer sechs Wochen hingeflogen, und jetzt ging das Geratter los, und das ist ja auch die große Strafe, das blenden junge Leute aus, oder irgendwelche in der Kriminalität, und das erzählen ja kaum Leute in Videos, dass sie sagen, ja, Strafe ist natürlich, ein Teil der Strafe ist schon, dass, dass dein Kopf, dass dein Kopf hart, äh, hart wird, weil, weil du schon denkst, okay, jetzt gibt's Hausdurchsuchungen, wer erzählt was, was ist Ali, was haben die ermittelt, auf welchen Fotos sind die drauf, welche Telekommunikation haben die, wann schlagen die zu, das kann, vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, gibt's neue Ermittlungsansätze, was ist, wenn's vor Gericht geht, wie hoch ist die Strafe, das kann ich alles noch so abrufen, ohne mein Gedächtnis groß zu bemühen, weil, weil das ist, das, das, das ist das, was ja auch viele zermürbt, ja, viele sagen so im Nachhinein, in den Videos, ja, du warst nie true, warst nie real und so weiter, ja, wer, wer, wer das über 20 Jahre mitgemacht hat, ich meine, ich muss mal sagen, ich hatte über 25 Hausdurchsuchungen und Verfolgung und Telekommunikationsüberwachung, offene Observierung, verdeckte, äh, verdeckte Observierung, äh, Kameras, Abhörgeräte in Autos und so weiter, und das macht ein Fake, das wird paranoid, als Extremist und Krimineller wird man paranoid und dann, und dann saßen wir da zusammen und sagten so, ja, wie nehmen wir jetzt Kontakt auf, weißt du, ist Ali verhaftet, ja, der soll erstmal, der soll erstmal verhaftet worden sein, dann, okay, was machen wir jetzt, dann, dann wird ein Plan geschmiedet, okay, erstmal, erstmal kein Kontakt, okay, erstmal nachforschen, wer hat denn noch alles Hausdurchsuchungen, ähm, dann haben wir uns überlegt, okay, wer hat denn noch alles, was mit ihm zu tun, mit wem könnten wir jetzt in Kontakt treten, und, äh, dann, äh, ist Mike jemand eingefallen, der gesagt hat, okay, zu dem könnten wir hinfahren, und, äh, da könnten wir dann mal, da könnten wir dann mal gucken, was der zu der Sache zu sagen hat, und da sind wir hingefahren, und wie das mit Ali weiterging, und was, wie es mit Mike weiterging, und, ähm, wie es irgendwann jetzt auch mit meiner Familie, was da los war, mein Familienleben, jetzt auf einmal vom Rechtsextremisten zum Multikriminellen, irgendwie zum Kriminellen, zum Gangster, ja, wie man das heute so bezeichnet, ich habe mich selber so nie bezeichnet, ja, ähm, wie meine Familie darauf reagiert ist, und wie ich mit meiner Familie umgegangen bin, das erzähle ich euch in einem Special-Teil, das kommt auf jeden Fall, und da gehen wir bald in die Rocker-Serie über, Leute, vielen lieben Dank, dass ihr dabei seid, improvisiert hier immer noch auf meiner Baustelle, ja, ähm, vielen lieben Dank an die Kanalmitglieder, die diesen Kanal supporten, an die ganzen Leute bei Patreon, die das hier stützen, wo es dann auch immer wieder Bilder, Dokumente und Videos und so mal gibt, Dankeschön, ich habe das ein bisschen, ja, ich bleibe da am Ball, ich bin euch sehr, sehr dankbar, dass ihr das alles stützt, und die Interviews und so weiter, der Verein hierunter ist extremistlos, mein Buch ist raus, Hass macht Gewalt, immer wieder, ja, Spiegel Bestseller, wer Bock hat sich das zu gönnen, der ist recht herzlich dazu eingeladen, King oder den Kongs, die Marke hier hinter dem Kanal, gibt es geile Hoodies auch immer zum Winter, ansonsten ganz, ganz viel, was man hier unter auschecken kann, oder auch nicht, die YouTube-Videos sind ja für alle konsumierbar, schickt nicht so viel Hate hier rein, ja, ich verbleibe auf jeden Fall mit einem, Ahoi von der Küste. Moin Leute, da melde ich mich mit dem 24. Teil, Multikriminell, ja, man kann sich selber für den cleversten Gangster halten, man kann auch clever sein, man kann auch alles durchdenken, zwei Sachen, die ich dazu mitgebe, besonders im Drogenhandel, in der Kriminalität allgemein, man hat mit Idioten zu tun, man selber kann sehr clever sein, aber man muss das Zeug irgendwie über Idioten vertreiben, an Idioten verkaufen, oder man ist selber auch ein Idiot. Und, was ich gelernt habe, ist natürlich, man fliegt oft auf, wegen, wegen vermeintlichen kleinen Fehlern, nicht das Große, ja, wir haben groß was geplant, das sind oft die kleinen Dinge, woran es dann hängt, auf jeden Fall, Ali aus Schwerin hatte das nicht so groß durchdacht, ist sehr, sehr erfolgreich gewesen, wahrscheinlich auch durch, äh, einen gewissen Familienkomplex dahinter, ja, ähm, er hatte schon sehr, sehr gute, ähm, Konecke, woher die meisten Sachen aus dem Ausland kamen, aber er wurde so geldgierig, dass er mit fast jedem Geschäfte gemacht hat, und wenn du nachher anfängst, und du hast erst, äh, tausend, äh, Stangen Zigaretten an jemanden verkauft hast, dann festen Abnehmer, und dann, ähm, steigerst du deine Mengen auch, dann nimmst du jemanden an, der nur 500 braucht, dann nimmst du jemanden an, der 100 braucht, nachher hast du jemanden an, der bei dir nachts klingelt und sagt, äh, ich brauch noch nicht Schachtel Zigaretten, oder ich hab gehört, du hast die billiger, oder so, dann, äh, das ist wie im Drogenhandel, wenn sie jetzt erstmal rumsprichen, einen Namen hat und so weiter, dann, äh, ist eigentlich, ist eigentlich der Besuch der Polizei vorprogrammiert, wollen immer viele nicht so hören, ist aber so, ja, deswegen hat ein gewisses Größenwachstum auch oft damit zu tun, dass man dann auf den, äh, auf, äh, Radar von der Polizei auftaucht. Es war jetzt so, Mike hatte Hausdurchsuchung, es ging um Zigis, ich bin verschont worden, wir treffen uns, und, ähm, wir haben jetzt Beratschaft, okay, okay, was können wir tun, und auch ich hatte, auch ich hatte Waffen von ihm gekauft, ähm, grundsätzlich in meiner Situation gerade noch, ähm, so halb noch im Rechtsextremismus drin, jetzt in der organisierten Kriminalität, wahrscheinlich der Sprung bald in den Rockerclub, da, ja, gehen die Ohren, da werden die Ohren langen bei der Polizei, besonders wenn es um Waffen geht, das ist auch richtig so, ja, ähm, bei Waffen sollte der Staat auch hinterher sein, da gibt es auch keine so Zeit, das beobachten wir erstmal, da wird dann zugeschlagen, da hat mir natürlich auch Sorgen gemacht, was gehört dann erstmal mit dazu, also erstmal das Haus säubern, ja, erstmal gucken, okay, wenn die jetzt was finden, was Computer reinigen, nee, habe ich sowieso nichts aufbewahrt, äh, heutzutage ist es ja auch im, äh, im Telefon und so weiter, dann wird, äh, werden Sachen notiert, ja, dann A Punkt P Punkt gleich, äh, 2K, ja, weil die Polizei nicht weiß, was K ist oder so, ja, die älteren Zuschauer wissen das wahrscheinlich wirklich nicht, also 2K, 2000, ähm, ja, also auf jeden Fall erstmal überlegt, zu Hause alles raus, was ich nicht verlieren will, Laptop auch weggepackt und so weiter, weil ich dachte so, okay, vielleicht komme ich doch noch in die, in die Sache rein, dann sind wir auf jeden Fall, sind wir nach, sind wir nach Schwerin gefahren, man darf danach auch nicht so eine Riesenwelle machen, weil die Polizei danach auch ganz genau guckt, ja, okay, was, wer wird jetzt hier wie aktiv, wer, wer, äh, fährt wohin, wer trifft sich mit wem, vielleicht kann man dann da auch als Polizei was abhören, eine Abhörmaßnahme oder eine Überwachung machen und, ähm, und dann haben wir uns mit einem Partner von ihm getroffen, der, der, ähm, kann ich eigentlich sagen, das ist ein Spitzname, oder wie nenne ich ihn denn, er heißt wie eine deutsche, wie eine, wie eine Soße, mit der man was veredelt, aber ich nenne ihn Knorr, das muss man mir merken, das ist ein weiter Sprung, ich nenne ihn Knorr, haben wir uns mit Knorr getroffen, auch, äh, auch jemand aus, äh, Indien oder Pakistan, ja, auch sehr aktiv in Schwerin, hatte aber so Milieu, so, ähm, Automaten aufstellen, ja, äh, also hier Dattelautomaten, überall immer so die Finger so mit drin, wenn es irgendwas zu verdienen gab, ich glaube sehr, sehr aktiv im Geschäft der Hehlerei, was so Baumaschinen angeht, wenn es um Maschinen allgemein ging, oder Autos, oder Schäden, ja, in ganz unterschiedlichen, in diesem Milieu, und dann immer, kannst du mal da fragen, oder kannst du was schieben, Baufirmen, die was loswerden wollten, äh, LKWs anzünden, all diese, all diese möglichen Dinge, da wirkte der mit drin, und war mit ihm gut befreundet. Da sind wir dann hin, und haben die Information bekommen, haben uns dann getroffen, ganz konspirativ, ist es dann immer, ja, äh, dass man dann anruft, ja, äh, äh, lass mal ein Telefon zu Hause, das kann man ja am Telefon dann sagen, dann wird das dann so gesagt, ja, weißt du noch, wo wir uns, äh, im Sommer getroffen hatten, wo wir ein Eis gegessen hatten, und dann sagt der andere, ja, okay, und dann fahren alle ohne das Telefon los, und treffen sich dann da, ähm, bringt natürlich nichts, wenn man sowieso in der Überwachung drin ist, mit dem Auto, oder sonst was, aber es sind kleine Sicherheitsmaßnahmen, und haben uns dann da getroffen, und dann, ähm, ging es auch relativ schnell, dass wir informiert worden sind, von Knorr, ähm, dass der uns gesagt hatte, dass, äh, dass der bei Ali schon vor, vor längerer Zeit zugeschlagen wurde, worden ist, und dass Ali das nicht gesagt hatte, und, ähm, dass allmöglichen Leute dann, die bei Ali rein und raus gegangen sind, dass er die dann, äh, zu sich geholt hat, die Ware, und die Polizei dann immer fleißig Fotos, und sonst was gemacht hat, und auch Knorr, und, äh, Knorr und Ali waren gut befreundet, und auch Ali hat den Knorr auch über die Klinge springen lassen, beim Mike hat er sich das so gemacht, damit ich die Geschichte nicht zu lange mache, weil sie hat ja jetzt so nichts direkt mit mir zu tun, ich war da zwar mit drin und war mit dabei, aber hatte für mich keine Relevanz, nur damit die so die Mechanismen versteht. Der Ali hatte sich dann, ähm, überlegt, wo er erwischt worden ist, okay, spiel es aus, ich hab mein Geld eh in Pakistan, da werden deutsche Staatsanwälte, und Finanzämter und sonst was, mit Sicherheit keinen Zugriff kriegen, der sich dann gesagt hat, okay, scheiß drauf, ähm, sitze ich hier halt meine Zeit ab. Aber auch er wollte seine Zeit verkürzen, und hat gesagt, okay, lass ich ein paar Leute über die Klinge springen. Er hat dann den Knorr über die Klinge springen lassen, aber bei Mike hatte er sich überlegt, okay, Mike schuldet mir noch die 35.000 Euro, ist jetzt nicht der Mega-Betrag für ihn wahrscheinlich gewesen, aber 35.000 Euro sind 35.000 Euro. Und er wusste genau, okay, ich werde noch in deutschen Gefängnissen bleiben, und vielleicht habe ich auch die Chance, selbst wenn ich Leute über die Klinge springen lasse, vielleicht kann ich in einer anderen Stadt aktiv werden, und ich bräuchte den, und ich bräuchte den noch. Deswegen hat er über Mike nicht viel gesagt, Mike ist dann durch Zufall in diese Überwachung mit reingekommen, und Mike wurde nachher auch dafür verurteilt, ich meine, er hat nachher dafür sechs oder neun Monate Bewährung bekommen, und irgendwie 3.000 oder 5.000 Euro Geldstrafe, weil sie ihm halt nur diese, ich sage jetzt mal, nur diese 200 oder 400 Stangen nachweisen konnten, weil Ali dann gesagt hat, nee, das Geschäft sollte gerade erst losgehen, er hätte noch nicht länger mit ihm zu tun gehabt, alles andere konnte er nichts dazu sagen, keinen anderen Namen aus dem Umfeld, weder mein Name noch andere, die da auftauchten, konnte er gar nichts dazu sagen. Und hatte dann Mike aus der Sache rausgelassen, weil er ja auch halt befürchtet hatte, okay, wenn ich die über die Klinge springen lasse, der wird ein Netzwerk haben. Mike hatte sich ja auch immer ganz schön groß verkauft, ja, davon hat er auch immer profitiert. Er selber hatte ja auf diese Gang-Style so keinen Bock, aber wenn er dann Rücken brauchte, war die Gang gut genug. Das war so ein Geben und Nehmen, so ein bisschen, ja. Und jetzt war es auf jeden Fall so, dass der Ali wurde auch dann verurteilt und der hatte dann eine etwas größere Familie, so hinter sich jetzt so keine Kriminellen, alles so eher normale. Die haben sich auch, glaube ich, selber nicht als Kriminelle gesehen, die haben sich wirklich so gesehen, als wenn sie so ein Ding auf dem Flohmarkt betreiben, mit Hemden aus Pakistan und Indien und so weiter. Das ist echt Hashtag No Hate, aber die haben das, glaube ich, gar nicht so gesehen, dass sie irgendwie so Schwerstkriminelle sind und irgendwie die ganze kriminelle Szene in Mecklenburg-Vorpommern bis nach Brandenburg oder bis nach Thüringen runter und was weiß ich, wo irgendwie mit Ziggis Waffen und Drogen versorgt haben. Das haben die nicht so gesehen. Deswegen war das jetzt nicht so ein Clan und sein Bruder hatte dann Kontakt aufgenommen zu Mike und Mike war natürlich trotzdem angepisst, hat Bewährung wieder bekommen. Der hat gerade zweimal fünf Jahre abgesessen, hat Bewährung bekommen, die Geldstrafe. und dann erinnere ich mich noch, wie der Bruder dann Kontakt aufgenommen hat, dass wir uns dann in diesem indischen Restaurant treffen sollen. Wir beide Dinger, ich fahre doch jetzt nicht. Ich sage zu meinem Dinger, ich fahre doch jetzt nicht zu dem ins Restaurant drin. Ich sage, der ist jetzt irgendwie geschnappt worden, sitzt in Untersuchungshaft, hat mir Leute wie Klinge springen lassen und jetzt soll ich mich mit seinem Bruder treffen und da hinfahren. Och, komm mal mit und so weiter. Musst du dir mal anhören, was der vorzuschlagen hat und so weiter. Und dann ist so, ja, nee, aber dann wieder so ein Treffen und das ist auch, was schlaucht. Werden auch sicher viele von diesem Kanal kennen, schreibt es mal wieder rein, Hashtag kenne ich. Ja, diese Treffen dann so, ja, wir müssen was besprechen und das ist ganz dringend und ja, ist wichtig und nee, jetzt und am besten gleich losfahren ist auch für deine Sicherheit wichtig und so. Alter, hier wieder Dong, 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 Dong am Kopf. Ja, immer Hardcore rein. Das ist das, was den Kopf ja auch so kaputt macht in dieser Kriminalität, aber berichten die wenigsten ja ehrlich drüber. Ja, haben wir uns mit ihm getroffen und dann hatte der Bruder ausrichten lassen, der durfte ihn ja dann im Gefängnisfamilie besuchen oder die haben über dem Handy gequatscht, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob die sich überhaupt Gedanken darüber gemacht haben, was die da so machen. Ich habe Mike dir Empfehlung gegeben, ich sage, pass auf, halt dich da raus, scheiß drauf, brech den Kontakt ab und das war es. Aber Mike war natürlich, war gierig nach Informationen, kommt da noch mehr, weil so genau wussten wir das ja nicht. Aber da habe ich euch ja ein bisschen mehr schon gespoilert. Der hätte dann auch gesagt, ja, der musste das machen, weil er sonst irgendwie zehn oder zwölf Jahre bekommen hat, so winken ihm fünf Jahre. Aber der Bruder sitzt uns dann gegenüber und ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt spielen soll. Ja, das zog sich natürlich eine Zeit. Ja, für euch ist das jetzt so wie im Film Vorspulen. Ja, das zog sich und dann treffen und dann geht es ja um die 35.000 Euro und ja, Mike sollte ja dankbar sein, dass er uns alle rausgehalten hat und so weiter. Und dann saßen, saßen wir dem so gegenüber, diesem eher schmächtigen Inder oder Pakistani und sitzen dann in einem Restaurant in Schwerin und er sitzt uns gegenüber und sagt so, ja, ich habe ja mit Ali telefoniert und so weiter und der würde jetzt gerne die 35.000 Euro von dir zurückhaben, Mike. Ja, und wenn es geht, irgendwie, sag ich mal, Zahlungsziel 24 Stunden oder binnen kürzester Zeit und würde ganz gerne noch einen Obelos oben drauf haben, weil er dich ja auch rausgelassen hat aus den Ermittlungen, weil er das ja dichter rausgelassen hat. Ich sage mal so, die Halsschlagader von Mike war am Pochen, ich kam aus dem Schmunzeln gar nicht so raus, weil es eine geile Zwickmühle ist, es ist eine beschissene Zwickmühle für jemanden, der natürlich Drogenhandel dort gemacht hat, Zigarettenhandel, Waffenhandel und so weiter, der dann sagen könnte, ich hätte da noch einen anderen Namen und den könnte ich dann auch erwähnen. Der andere wurde aber gerade bestraft, auch zu Bewährung und zu der hohen Geldstrafe, hat also doppelt abgekotzt und dann war das noch relativ lustig, wie der Mike dem Bruder von ihm dann das klipp und klar gesagt hat, das dann in den Gefängnissen da hochgepokert, da hat er so ein bisschen mehr getan, als er drauf hat, hat er dann so getan, als wenn er Alis Leben, nach Alis Leben trachten könnte im Gefängnis und er sollte die 35.000 Euro kriegt er, aber erst, wenn er rauskommt, wenn Gras über die Sache gewachsen ist, Gras über die Sache, über die Drogensache gewachsen ist, na gut, und hat ihm das mit Angstarbeit, hat er ihm das dann vermittelt, hat gesagt, nein, die 35.000 Euro, ich gehe nicht zur Debatte, ein Mann, ein Wort, Ehrenwort und wenn er rauskommt, sechs Jahre, vier Jahre gute Führung oder er soll abgeschoben werden oder so nach drei Jahren oder sonst was, wenn er dann rauskommt, gibt es das Geld und alles andere, aber einen Bonus gibt es nicht, die 35.000 stehen im Raum, der Bruder, okay, alles klar, alles so abgenickt, ja, immer wieder ein Mann, ein Wort und da haben wir Handschlag drauf gegeben, bezahle ich auch selbst wenn und er hat mich ja auch rausgehalten, alles klar, aber wie es nachher so gekommen ist, wo der, wo Ali ist dann rausgekommen, der ist dann glaube ich von Schwerin, ist der, ist der nach meiner Meinung nach Dresden oder Leipzig oder so gegangen, ich weiß gar nicht, ob der noch in Deutschland ist, aber ist dann da runtergegangen, hat er dann immer wieder auch versucht Kontakt aufzubauen, auch natürlich wegen, wegen diesen 35.000 Euro und da hat, meikt sich das irgendwann später, also wir machen jetzt einen Gedankensprung, weil die Story dann auch zu Ende ist, hatte er dem Ali dann ausrichten lassen und hat gesagt, naja, das kann nicht sein, er kann niemanden, der jetzt da andere über die Klinge hat springen lassen, das Geld geben, er würde das Geld einfach einbehalten und er wünscht sich da keinen Kontakt, nachdem er auf der sicheren Seite war, dass er dafür nicht mehr angeschissen werden kann, natürlich, weil nach drei, vier, fünf Jahren irgendwie sowas dann zu beweisen, ist dann sehr schwer, wenn er dann irgendwie im Gefängnis sagt, ich will nochmal einen Staatsanwalt sprechen und ich weiß auch, was noch von vor fünf Jahren oder so oder vier Jahren, ist dann sehr schwierig, also war das ganz klar, dass er das Geld behält und das zeigt einfach ganz viel so dieses immer Geld und ich kann mir die ganze Wand noch mit Handschlägen, kann ich mir die ganze Wand noch pflastern, die noch irgendwo sitzen und dann ablästern, abziehen und sich dann auch ihre Wahrheit so hindrehen und sagen, ja, aus den und den Gründen und das musste ich und dies und ist eine ganz normale Sache in kriminellen Kreisen. Aber der Ärger sollte nicht aufhören, der Ärger sollte nicht aufhören, es gab immer wieder, es gab immer wieder reichlich, reichlich Themen, die da waren. Wir hatten jetzt ja angefangen, aus Bremen so ein bisschen Gras zu holen, ja, und hatten dann unsere, unsere Fühler so ausgestreckt, wer könnte das so ein bisschen vertreiben. Wir wollten dann auch nicht unbedingt in der Stadt so groß, ich war ja immer noch auch noch ein bisschen mit den Kameradschaft-Werwolf-Leuten dann so befreundet und wir hatten dann ja auf jeden Fall diese Konecke, der das vertrieben hat, oben auf der Insel Pöhl, den, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe ihn Ronny genannt, ja, ich glaube, es ist Ronny und der Ronny wohnte dann auf der Insel Pöhl und nachdem er dann gesagt hat, ja, okay, wir können hier ein bisschen Sachen vertreiben, das Gras da aus Bremen von, ist es natürlich eine attraktive Sache, aber den Groß, das große Geschäft macht natürlich der, der es, der, der es anbaut, ja, und wir hatten dann ja Kontakt zu dem, zu dem Mario, der auch dann, ja, wo wir wussten, dass mit dem Lotto und so, das ist alles nicht und jetzt hat er damit rausgekommen, dass er, dass er sozusagen Stripclub und dass er dann da von dieser Großfamilie aus Bremen dann die Drogen vertreibt. Ich persönlich habe mich da so ein bisschen rausgehalten, kann sein, dass es hier auch schon den ersten emotionalen oder Vertrauensbruch meiner Seite auch mit Mike gegeben hat, ist vielleicht ganz spannend so in der Nachbetrachtung, aber Mike wurde jetzt auf jeden Fall so dermaßen geldgierig, dass kleinere Beträge von 5 oder was weiß ich, 10.000 Euro im Monat oder so, oder ihn überhaupt so gar nicht mehr so interessiert hatten. Jetzt musste es wirklich, jetzt musste es knallen, ja, jetzt musste, jetzt wurde, jetzt musste über Autos gesprochen werden, es musste 100.000, 200.000 verdient werden oder am besten nochmal eine Yacht oder ein Haus und ich will auch ein großes Haus und das muss auch in Gold verkleidet werden am besten, ja, also völlig, völlig in der Sucht da drin und Risiko ausblenden. Dann hatten sie da auf Pöhl, wo dann dem Typen, dem wir immer das Gras hingefahren haben, der das für uns vertickt hat, den haben wir dann mal 2 Kilo gegeben, 3 Kilo gegeben, wenn wir das aus Bremen bekommen haben und haben dann an dem Kilo 1.500 verdient oder so und haben dann in einer Woche oder zwei Wochen da, damit ja 3, 3,5, 4,5, 5.000 Euro verdient, was ein mega Geschäft ist, ja, aber durch die, durch die eigenen, durch die Erzählung da aus dem Umfeld, ja, wenn du das, wenn du das selber anbaust und du verkaufst es dann für 5,5 oder so, dann machst du, dann machst du damit, dann machst du damit in 6 Wochen oder 12 Wochen, kannst du damit 60.000, 80.000, 100.000 machen mit dem Gras, ja, und die Investition ist relativ klein, ja, und was für sich, wenn du, du musst nur irgendwo was anmieten und dann gibt es nur ein paar kleine, paar kleine Probleme, ja, du musst dich um Strom kümmern, du musst dich um den Geruch kümmern und dann baut die erstmal an und selbst wenn ihr mit der ersten Ernte dann, ja, wenn ihr dann mit der ersten Ernte dann auch nur, was für dich, 4, 5 Kilo einfahrt und könnt ihr danach die Anlage ausbauen, besseres Equipment kaufen und so weiter. Wurde alles groß fantasiert und dann waren wir da und dieser, dieser Ronny da oben, der war natürlich auch so, ja, der war ja dann mit der, mit der, mit unserer Stripperin zusammen, ihr seht, das ist jetzt so ein, so ein, ein Wust an Leuten, aber ich kann das nicht anders auseinanderfrieben, weil alle miteinander zu tun hatten. Es war halt jetzt eine kriminelle Clique, die untereinander alle Geschäfte gemacht hat und das ist ja nicht so, dass der eine sagt, ja, nee, wir machen nur Drogen, wir machen nur Waffen, wir machen Prostitution und wir machen Hehlerei oder so, sondern alle haben in allen Geschäften irgendwie ihre Finger drin, wollen mitverdienen. Ja, ey, was macht der, kann ich das billiger, nee, ich nehme dir die vier ab. Das ist einfach, ähm, das ist, sind halt schwerst kriminelle Strukturen, da braucht man nicht eine Großstadt geben, das gibt es in jeder Kleinstadt genauso, da weiß man, wer wie, wo, was macht und, wenn jemand Geld verdienen will, dann versucht er auch überall mit der Hand reinzukommen. Ich habe mich jetzt aus dieser Sache da auch auf Höhe rausgehalten, ähm, weil, ähm, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, warum, irgendwie war mir auch der, der Ronny nicht so mega sympathisch, ja, und, ähm, mein Weg sollte dann ja auch woanders hinführen, aber später natürlich auch wieder in diesen Bereich. Dann waren sie auf Pöhl, waren sie, äh, hatten dann dort eine Scheune von so einem Millionär, der hatte da, der ist durch irgendwas irgendwie irgendwo reich geworden, ja, aber auch das reicht nicht und von dem hatten sie eine Scheune dann gemietet und hatten dann dort, ähm, hatten dann dort versucht, die erste Anlage reinzubauen. Das ist der erste Versuch, den ich so aktiv mitbekommen habe, wie, ähm, wie jemand versucht hat, eine Gasanlage aufzubauen. Jetzt könnte man sagen, ja, man, man kann, äh, man kann sich da informieren, man fragt jemanden, ja, oder man holt sich einen Blumentopf, packt da irgendwie, ähm, einen Saatkorn rein und dann wächst da eine Marihuana-Pflanze. Du musst erst mal die Saat irgendwo herkriegen, dann musst du, ähm, weibliche, männliche Pflanze und so weiter, wie ist die aufzuholen. Das ist, ähm, also gar nicht alles so einfach, wie sich das jeder immer vorstellt, aber hier wird mit Sicherheit jemand unter dem Video klug scheißen, ähm, äh, was die Marihuana-Pflanze braucht und was nicht. Aber auf jeden Fall wurde jetzt so gestartet, so Hölter-die-Polter. Ich hab das dann ja so alles mitbekommen, er hat mir dann auch immer erzählt, dann hatte, ich hab dann auch ein paar Mal so sein Handy durch die Gegend gefahren, weil er jetzt ja, immer wieder ist Mike jetzt ja dann so arbeiten gegangen. Die haben die Scheune dann umgebaut, die haben die Scheune umgebaut, ähm, das war immer ein ganz schöner Weg hin und da wollte er nicht immer mit dem Handy hinfahren, falls es, falls natürlich Bewegungs, äh, ein Bewegungsprofil erstellt wird von der Polizei. Wieso fährt er immer nach Pöhl? Wieso fährt er nach Pöhl? Wieso fährt er nach Pöhl? Dann fahren wir doch auch mal nach Pöhl und schauen uns auch mal an, was der, was der Herr Mike dort macht. Und, ähm, das, die, die, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was sie dem Millionär erzählt hatten. Dem hatten sie dann gesagt so, dass sie dort was lagern wollen, also waren nicht ehrlich mit dem, mit dem Vermieter. Das ist, glaube ich, auch ein schwieriges Thema, auch wie irgendjemandem zuzugehen und zu sagen, ähm, ich, äh, ich möchte in der Mietimmobilie, die ich von dir habe, möchte ich, äh, ein Drogendipot machen oder ich möchte dort Drogen anbauen. Und, äh, deswegen haben sie mir enges erzählt. Haben auf jeden Fall dann ganz viel Trockenbau hochgefahren, Folien und alle möglichen Sachen. Sind dann in so einen, äh, ich weiß nicht, Hanf-Shop nennt man das? In Hamburg sind die immer hingefahren, sind dann in so einen Shop gefahren, haben da alle möglichen Lichter, äh, Lampen, Aufzuchttöpfe und sonst was bestellt. Alles so, was man dann so aus, 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 aus Freundeskreisen bekommen hat, ähm, aus dem Umfeld von dem Mario. Der hatte das, äh, sozusagen dann schon ein bisschen mehr blicken lassen, dass er nicht nur Gras dann von dieser Familie holt, sondern dass er auch selber im Grasgeschäft aktiv ist. Aktiv sozusagen dann als, ja, als selber, selber Anbauer. Und das wurde dann als Nachricht aufgenommen und da war für Mike ganz klar, okay, jetzt hat er endlich mit der Sprache rausgerückt, er holt das nicht nur von dieser Großfamilie, sondern das meiste Gras baut der selber an und damit macht er auch das große Geld. Da wurde lange rumgedruckst, ja, bis das rausgekommen ist. Der war sehr vorsichtig, ja, der ist ja auch, äh, verstorben war, ein netter Kerl, Ruhe in Frieden. Ähm, und, ähm, hatte da, hatte da natürlich wenig getraut, wenig Vertrauen in andere, die das erzählen, das ist nichts, womit man hausieren geht. Mein Partner damals ist immer betrunken damit hausieren gegangen, was für ein großer Grasanbauer er ist und so, aber auch was für später, Leute. Und, ähm, dann hatten sie diese Immobilie, äh, wie gesagt, da angemietet, mitten auf dem Hof, der Millionär wohnte da auch und der war so ein, so ein, so ein, so ein Bauer, Gummistiefel irgendwie durch die Gegend latschen und sich auch in alles seine, seine Nase reinstecken und zu allem auch irgendein klugscheißer Spruch und, äh, fühlte sich auch dementsprechend cool und dachte, er ist halt auch voll die Nummer, so. Ähm, war mir äußerst unsympathisch, aber das zählte nicht. Ja, äh, immer dorthin gefahren, die Scheune dann von innen, dann lässt man, von außen lässt man die Scheune unbehandelt sozusagen und von innen baut man dann sozusagen ein Cube rein, ja, mit Trockenbaum, mit Holz und dann ist der Mike immer losgegangen und hat gesagt, okay, wir brauchen hier Hilfe und irgendwann sind sie dann dazu übergegangen und haben gesagt, okay, pass auf, wir betreiben schon mehrere dieser Anlagen, ähm, da gab es jemand, der wurde der Lehrer genannt und der Mario und die haben gesagt, okay, wir tüten das jetzt aus, ist jetzt kein Geheimnis, wir besorgen das, äh, wir besorgen zwar ein bisschen Gras und können wir besorgen, das ist immer scheiß Qualität, aber wir betreiben selber mehrere Anlagen und damit verdienen wir unser Geld und wir verdienen uns dumm und dämlich damit, ja, und, ähm, so ging es dann los, dass Mike die überredet hat, okay, bringt mir das bei, ja, wenn ihr mir das beibringt, dann beteilige ich euch und die haben gesagt, okay, wenn wir dir das beibringen, gibt es 10.000 Euro und 50% von der ersten Ernte, dann sind wir alles Kumpels, aber du machst dann unseren Vertrieb. So ging das alles los, so relativ schnell und ich, ich wollte eigentlich nur ein bisschen dabei sein und ein paar Kilo Gras da mal verkaufen, da mal verkaufen und so weiter und jetzt ging es darum, auf Pöhl diese Anlage aufzubauen, ja, jetzt gab es da den Lehrer, der wurde der Lehrer genannt, der gar nichts mit dem Milieu zu tun hat und der Mario hatte jetzt ausgetüttet, okay, ich habe meinen Stripclub, damit verdiene ich keinen Cent, das ist der letzte Scheiß in Bremen, ja, habe dann auch mit diesen neuen Rockern zu tun, Mongols und so weiter, eigentlich finanziere ich alles über zwei, drei Plantagen, die wir verteilt haben in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir selber Gras anbauen und ja, wir bringen euch das bei und ja, ihr könnt dann da die Anlage machen und dann sind die da hin und haben denen das sozusagen beigebracht. Das ist ja ein Prozess, so eine Scheune umzubauen, das alles hinzufahren, die Sachen zu besorgen, einzurichten, alle Sachen, wurden Stecklinge aufgezüchtet und alles Mögliche ging dann so, ging dann los und es zog sich über Wochen. Die Distanz zwischen mir und Mike wurde immer größer, weil ich in dem Projekt nicht mitgemacht habe. Er hat mir das ja immer alles erzählt und ich bin dann öfters mal mitgefahren, aber vielmehr habe ich mich da nicht engagiert. Das war mir auch noch nicht geheuer. Ich konnte mir das nicht vorstellen, wie das da so alles funktioniert. Und das kam auch alles in die Gänge und das blühte und er hat sich schon gefreut, hat schon Geld ausgegeben, ja, hatte dann auch schon das Haus, was er da von Ali hatte, gesagt, okay, das Haus kann ich von der zweiten Ernte, da gebe ich 10.000 weg, dann muss ich 50% von der Ernte geben, dann kriegt der Ronny was und dann müssen wir die Miete an den Heinz ziehen. Mir wurde schon mal ganz schwindelig, ich habe gedacht, man gibt Geld erst aus, wenn man es in der Tasche hat oder auf dem Konto hat. Nicht mir überweist morgen jemand vielleicht was oder ich kriege vielleicht was, besonders im Drogenhandel. Ja, im Drogenhandel war immer ein lustiger Spruch, den werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Da habe ich immer köstlich drüber gelacht oder den haben wir nachher immer ironischerweise gesagt, wenn jemand gesagt hat, Digga, mach dir keine Sorgen. Es ist alles gut gegangen, es hat alles geklappt, es fehlt nur noch das Geld. Mega, also wie, fehlt nur noch das Geld. Das ist der wichtigste Scheißteil an dem ganzen Deal. Ja, das hat sich tief eingebrannt bei mir. Es fehlt nur noch das Geld, aber sonst mach dir keine Sorgen. Und auf jeden Fall wurde es jetzt, wurde es groß, es wurde viel gemacht und alle waren sehr euphorisch. Auch in meinem Umfeld haben das immer mehr Leute mitbekommen, okay, ich habe das natürlich zwei, drei Leuten so im Vertrauen gesagt, wie das dann so ist. Willst du was geheimen behalten, behalte es für dich. Aber der hat was erzählt, der hat was erzählt und auf einmal waren alle so angefixt, waren angefixt so mit dieser Geschichte und es sollte dann auch dazu führen, dass auf jeden Fall wir dort weiter, weiter in dieses Milieu eintauchen. Aber was erstmal passiert ist, bevor mich Geld da verdient werden konnte auf Pöhl und sie die große Ernte machen wollte, da hat jemand nämlich dazwischen gefunkt und mit dem haben sie überhaupt nicht gerechnet. Und wer das war, das erzähle ich euch im nächsten Teil, Leute. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei seid. Ihr dürft gerne, dass ihr unterstützt und als Kanalmitglieder in den Livestreams mit dabei seid. Kriegt ihr die Emotes oder als Paten. Da gibt es Dokumente, Bilder und so weiter von Leuten, über die wir manchmal sprechen. King oder den Kongs, könnt ihr mit den Textilien gucken. Mein Buch ist raus. Hass macht Gewalt. Und der Verein gehunter ist extremistlos e.V. Freuen wir uns auch über einige Mitglieder, die uns in der Antigewalt arbeiten und der Radikalisierung unterstützen möchten. Ansonsten verbleibe ich wie immer mit einem Ahoi von der Küste. Moin Leute, da melde ich mich mit dem 25. Teil Multikriminell. Ja, es ist viel los. Neue Leute treten in meinem Leben und es geht natürlich um den Drogenhandel. Das Geschäft mit der Prostitution läuft immer weiter. Das wird auch immer wieder Parallelthema werden. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt lief es relativ reibungslos mit wenig Arbeit. Wir hatten noch jemanden, der die Fahrten gemacht hat, aber es hat halt nicht genug Geld gebracht. Ja, die große Sorge am Anfang von Mike, wir müssen einen großen Tresor einbauen und wir müssen uns Gedanken machen, wie wir das Geld waschen. Und das Problem ist nicht auf uns zugekommen. Ja, jetzt war es so, dass natürlich die erste Plantage vom Mike war, war sozusagen installiert worden. Es gab einen Lehrer und der schon über viele Jahre, wahrscheinlich über 10 oder 15 Jahre, schon gemeinsam mit dem, mit dem Mario dieses, dieses Geschäft betrieben hat. Wir sind da auch zu einem sehr beachtlichen Vermögen gekommen. Das hatten sie auf der Insel Pöhl gemacht, bei jemandem, der irgendwie auch Millionär geworden ist. Ich kann das nicht immer genau, man fragt, kann ja nicht jeden fragen, Mensch, wie bist du überhaupt zu Geld gekommen? Ja, es gibt ja genug Leute, die das von sich aus erzählen, aber einige setzen da auch den Deckel des Schweigens drüber. Jetzt war es auf jeden Fall so, dass sie diese Scheune angemietet haben. Natürlich war das dann für den, der die Scheune vermietet hat, okay, was machen die da? Ja, rein, raus. Besonders natürlich, wenn man die Vergangenheit von dem Mike kannte, wusste man, okay, auch der Ronny, der da mitgearbeitet hat, der da auf dem Hof mit irgendwie gewohnt hatte, war, sage ich mal, eine zwielichtige Person. Ja, so ein Hans Dampf in allen Gassen, zu alles ein Spruch irgendwie, auch immer, alles ist immer kein Problem, aber lebte dann doch irgendwie so in einer 1,5 Quadratmeter Wohnung, wo ich sage, 1,5 Zimmerwohnung und so weiter. Also schon so ein paar dubiose Typen. Und dann war es auf jeden Fall so, dass die Anlage lief dann auch und das war ja sozusagen wie ein Testversuch. Die sind nicht gleich gestartet und haben irgendwie 50 oder 100 Lampen reingebaut und haben gesagt, okay, wir gehen jetzt gleich auf die super große Produktion und so weiter. Es gab ja auch viele Probleme, die auch immer wieder besprochen worden sind, wenn ich dabei war. Also was ist mit der Anlage im Winter, wenn auf der Scheune Schnee liegen müsste? Die ganzen Lampen machen sehr, sehr viel Hitze. Dann schmilzt der Schnee auf den Dächern und dann gibt es wirklich Einheiten, die auch dann mit einem Hubschrauber fliegen und Luftaufnahmen machen und gucken, auf welchen Scheunen oder so dann kein Schnee liegt. Davon kann man dann ausgehen, dass da drunter sehr, sehr große Hitzequellen sind. So werden teilweise dann große Marihuana-Plantagen gefunden. Dann ist die Frage, wie zwackt man Strom ab? Ja, der große Stromverbrauch kann man mal einmal machen und dann bei so einer Anlage einbauen, aber nur für eine Ernte einbauen, dann wieder ausbauen und dann einen großen Stromverbrauch angeben. Ja, irgendwie, das ist schon schwierig. Der Strom war schon immer ein großes Problem. Da sind sie dann darauf zugegangen, sind an einen Elektromeister herangetreten, wo sie wussten, der hat ein Alkoholproblem. Das war bekannt. Der hatte auch Probleme mit seiner Firma. Und an den sind sie herangegangen und haben gesagt, ja, wenn du uns unten ans Erdkabel rangehst und von da Strom abzweigst, also vor dem Zähler der Scheune, dann bekommst du von unserer Sicht 2, 3, 4, 5.000 Euro und legst uns den Strom direkt rein. Denn es gibt immer wieder bei den Elektrizitätswerken oder den Verkäufern von Strom gibt es so eine Art Verlustquote, die irgendwo versickert. Ich will das jetzt hier so nicht erklären, weil ich bin jetzt so kein Elektriker und kenne mich damit auch so nicht mega aus, aber grundsätzlich, wenn denn jetzt noch Strom irgendwo verloren geht, ist es jetzt noch nicht, dass alle sagen, wir müssen die ganze Stadt aufbuddeln und gucken, wo wir hier ein paar Kilowatt verlieren oder so. Das heißt, das wurde alles schon so ein bisschen durchdacht. Der Lehrer hatte sich dann da auch engagiert, das sollte ja auch dafür bezahlt werden. Und dann wurde sich auf die Ernte gefreut, Geld ausgeben, alles schon im Kopf, war schon alles hergerichtet, wo das alles hingeht und wie viele Millionen dann verdient werden. Ich habe mich da, wie gesagt, rausgehalten. Jetzt war es so, dass ein Anruf kam und ich erinnere mich noch, dass wir beim Essen waren, es kam ein Anruf, der Ronny hatte sich gemeldet, hat gesagt, der ist scheiße, wir haben ein Riesenproblem, kommen sofort vorbei und wurde ich noch gefragt, ob ich dann noch mit hinfahre. Unterschiedlichste Probleme können da ja auftreten, dass dann gesagt wird, ja okay, welches Problem kann sein? Okay, er kann auch telefonieren, vielleicht sind es keine Cops, dann hätte er wahrscheinlich auch nicht angerufen. Okay, welches Problem kann noch sein? Es brennt, die Pflanze hat Schimmel, irgendwas ist eingestürzt, ich habe Scheiße gebaut und die Tür aufgelassen und alle Pflanzen sind erfroren. Keine Ahnung, irgendwas ist auf jeden Fall schiefgelaufen, Stimmung schon mal Scheiße. Wir losgefahren, Handys beiseite, sind wir hochgefahren Richtung Pöhl und kommen da an. Ich bin dann damit hingegangen und dann war der, dann war dieser Vermieter da von dieser Scheune, der dann gesagt hatte, er war nachts drin, weil er da Licht gesehen hat und hat gedacht, da ist vielleicht ein Einbrecher oder so. Einfach menschliche Neugier, da brennt rund um die Uhr Licht, dann noch so ein sehr auffälliges Licht, also jetzt nicht so, als wenn wir uns hier eine schöne Wohnzimmerlampe anmachen und sagen, wir wollen es einfach gemütlich gedimmt haben oder so, sondern da leuchtet die Bude schon. Und dann hat er gedacht, okay, da ist irgendwas falsch, Licht angelassen, ich wollte nur rein und Licht ausmachen und dann ist er in die Bude rein und hat natürlich die Anlage da gesehen. Auf seinem Hof, seinen Namen, seine Scheune, eine Marihuana-Plantage drin, kein Mensch hat ihm was gesagt und der war jetzt auch nicht so, dass er jetzt zurückhaltend so war und hat gesagt so, naja, Jungs, ich habe das ja durch Zufall gesehen, ist ja alles cool, sind ja nur grüne Pflanzen und so weiter, klärt mir doch mal, was das ist. Der wusste sofort, es ist eine Marihuana-Plantage, hier geht es um viel Geld und so weiter. Der dann auch gesagt hatte, okay, das muss sofort raus. Ja, der stimmungsmäßig war der auf Nullpunkt und hat gesagt, das geht gar nicht, will ich hier nicht haben, hier erwischt werden und so weiter und wieso habt ihr das heimlich gemacht und ich werde mit reingezogen, mein Name und Zeitung und was weiß ich und alle dann so, ja, chill mal runter, ja, da wird dann auch nicht gleich mit Druck gearbeitet, so in dem Sinne, wie so ein Film knarre und halt die Fresse, sonst knallen wir dich ab oder so, ja, die Storys, die überlasse ich dann die anderen so bei YouTube-Märchenstunde. Ja, also da versucht man dann erstmal sozusagen, fahr runter, okay, klar, scheiße, dass wir es nicht erzählt haben und so weiter, aber hey, wir können uns ja alle vertragen und zwar mit vertragen heißt, es geht um Geld. Trotzdem Stimmung voll im Arsch, ich habe das, ich habe das dann mitbekommen, dafür hat dann meine Menschenkenntnis auch gereicht, okay, hier geht es jetzt wirklich, ja, wenn man jetzt hier 20.000 verdienen wollte oder 25.000, ja, mit der ersten Ernte irgendwie die 4, 5 Kilo irgendwie abernten, ja, da mussten 10.000 an den Lehrer, dann hat die, der Aufbau der Anlage irgendwie 10.000 Euro verschlungen und dann waren die ja noch zu zweit, also der Ronny, der da gearbeitet hat, Maike, der ab und zu dahin gefahren ist, ja, war jetzt für das Risiko nicht das große Geschäft, wenn am Ende dann irgendwie nach 6 Monaten oder 4, 4, 5 Monaten Arbeitszeit irgendwie dann 5.000 Euro übrig bleiben, zumindest nicht auf kriminellem Niveau ist es dann, dass man sagt, ja, Mensch, hätte ich mal lieber Zeitung ausgetragen, hätte man keine, keine Kops am Arsch gehabt und das Geld zur freien Verfügung und kein Stress. Es wurde jetzt auf jeden Fall belabert, gesagt, ja, du musst jetzt, du musst, ja, du musst, du musst die Anlage auf jeden Fall runterbauen, das war auf jeden Fall klar, das wollte er, 100%ig, er wollte es in seiner Schaune nicht drin haben und jetzt ging es darum, die Ernte sollte nur noch, die hat nur noch irgendwie zwei oder drei Wochen gebraucht, bis sie es abgeendet wird, dann muss es zum Trocknen aufgehangen werden, also geschnitten werden, getrocknet werden und so weiter, damals hatten sie noch nicht dieses, diese elektrische Trommel, wo du dann, die die Blüten dann selber sozusagen abschleudert, sondern noch ganz klassisch so geschnitten mit der Schere und dann gab es die Riesendiskussion, dass er das durchziehen lassen wollte und dann ging natürlich immer wieder und dann haben sie gepokert, dann haben sie ihm 5000 angeboten oder sonst was, irgendwann ist er da eingeknickt, okay, die erste Ernte lässt er durch, danach muss sofort alles zurückgebaut werden und auf dem Hof und wir sind geschiedene Leute und so weiter, das Geld wollte er dann auf jeden Fall doch mitnehmen. Das ist dann, egal wie reich man dann manchmal ist, das ist für mich dann sowieso die Frage, dass man dann dafür dann so anfällig ist und dann doch noch dieses Geld dann so annimmt, ja, ist dann für mich manchmal nicht verständlich, aber wie gesagt, mit Gier frisst Hirn kenne ich mich einfach zu gut aus. Das ist dann auch zu Ende gegangen und der Test hat auf jeden Fall gezeigt, hat auf jeden Fall gezeigt, okay, das ist jetzt, das funktioniert und das ist möglich, ich kriege das selber hin und so weiter. Habe ich natürlich immer brühwarm mitbekommen, wir sind immer morgens frühstücken gegangen, Maik und ich und mittags und ich habe mich dafür dann schon so ein bisschen interessiert und habe gedacht, okay, sollte ich mir mal, sollte ich mir die Option mal offen haben, immer wieder mal umhören, vielleicht begebe ich mich dann doch noch mal auf dieses Geschäftsfeld und ich habe mich später dann auf dieses Geschäftsfeld dann auch noch begeben, aber wie gesagt, da geht noch ein bisschen Wasser die Elbe runter jetzt in dieser Geschichte, bis wir dann dazu kommen. Aber immer wieder werde ich auch gefragt und das ist jetzt vielleicht einer der schwierigsten Teile, die ich dann jetzt hier zu erzählen habe, ja, Mensch Philipp, was war bei dir familiär los und finanziell los? Das sind so Sachen, die ich so ungern natürlich erzähle, weil ich bin der Meinung, dass familiäre Sachten oft zu Hause bleiben sollten beziehungsweise genauere Sachten, deswegen will ich hier auch nicht zu tief eintauchen und das Geld können viele Leute nicht reflektiert genug, wenn das hier junge Leute schauen, ja, die dann die Beträge hören und denken, okay, das war es alles wert und so weiter, deswegen tue ich mich mit Beträgen immer schwer, ja, ich mag das auch nicht, wenn Leute so mal ihr Geld zeigen, was weiß ich, YouTuber oder ich verzockt 5000 Euro und irgendjemand hält so Bargeld so in die Kamera und so halte ich jetzt nicht so viel von, weil das triggert natürlich, dass Leute irgendwas nachahmen. Aber um auf den familiären Punkt vielleicht zu kommen, war es jetzt so, dass ich ja immer während des Rechtsextremismus habe ich ja immer wieder Kontakt gehalten zu meiner Familie, das war jetzt aber so, dass ich immer mit meinen Eltern, besonders mit meinem Vater, viele Vorwürfe gemacht habe, aufgrund der Auswanderung 1988, bis Ende 1991 nach England, wo wir ausgewandert sind, da war ich 10 Jahre alt, mit 14 zurück, habe ich meinem Vater für alles verantwortlich gemacht, was dann bei mir los war. Ja, aufs Gymnasium sitzen geblieben, runtergeflogen, Schulwechsel, kaum Freunde und dann, dass ich aggressiv wurde, Gewalttäter wurde und habe mich dann ja auch relativ schnell von meinen Eltern abgewendet. Es tut mir natürlich auch leid, das zu erzählen. Ich weiß ja, meine Mutter guckt manchmal YouTube, ja, fühle ich hier virtuell gedrückt, ich komme aber auch bald wieder vorbei. Und das natürlich dann immer so zu erzählen, meine Schwester ist in jungen Jahren, meine Schwester ist in jungen Jahren sehr schnell von zu Hause ausgezogen, meine Schwester ist dreieinhalb Jahre älter, dreieinhalb Jahre älter und wo ich angefangen habe, mich zu radikalisieren, ist meine Schwester schon, ist meine Schwester sehr schnell zu Hause ausgezogen, zum Studieren gegangen, weil sie mal mir unter Tränen gestanden hat, vor so drei Jahren oder so, dass ich schon, wo ich 15 war, Angst vor mir hatte zu Hause. Und wenn man das hört und wenn ich da heute drüber nachdenke und das in diesem Video erzähle, dann fühle ich mich so richtig klein, hanswurstig und wie der letzte Bastard. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich immer alles mit voller Überzeugung gemacht habe, ich bin im Recht, ich darf das machen, ich bin Opfer, ich wehre mich nur. Ja, dieser Ton, den auch ganz viele Extremisten und Leute, die immer mit irgendwas klug scheißen im Internet oder Gewalttäter, denen immer irgendwann sagen, ja, ich bin ja Opfer, ich habe mich nur gewehrt und so habe ich mich lange auch gefühlt, bis ich natürlich da ein bisschen was dazugelernt habe. Und das dann so zu hören, diese Vorgeschichte gehört so ein bisschen damit dazu, um jetzt zu verstehen, wie jetzt das familiäre Verhältnis ist während dieser Zeit in der Multikriminalität. Während des Rechtsextremismus, ich bin dann ja mit 20, 22, mit 22 bin ich dann ja in den Osten gezogen und dann war ich nochmal auch 60 Kilometer weg, das klingt jetzt nicht viel, aber es ist trotzdem eine Distanz, als wenn man jetzt irgendwie eine Straße weiter wohnt, macht es schon ein bisschen schwerer. Und ich wollte ja nicht. Ich wollte nicht. Ich habe meine Familie eingetauscht gegen diese angebliche, gegen diese angebliche neue Familie. Ich habe das leider auch immer, öffentlich behauptet, ich habe es auch gesagt, ich bin froh, dass ich eine neue Familie habe und dass ich meine eigene Familie hier hinten anstelle. Und das hier so im Internet natürlich so zu sagen, das schmerzt. Aber was ich damit mitgeben möchte, ist halt einfach, Leute, diese Momentaufnahmen aus Gruppierungen, aus Gangs und so weiter, das sind wirklich kurze Momentaufnahmen in Hochzeiten, weil man vielleicht eine gute Zeit verbringt, weil man mal zusammen lacht und weil man zusammen Geld verdient, weil man zusammen eine Gang ist, weil man mal zusammen Macht hat oder die gleichen Symbole tätowiert, auf den Shirts trägt oder auf der Kutte und so weiter. Und da habe ich das auch ganz groß rausposaunt, auch gegenüber meiner Familie, dass ich froh bin, dass ich eine neue Familie habe und dass sie an zweiter Stelle stehen. Das sind natürlich Sachen, die mich jetzt auch auffühlen. Auch hat meine Mutter mir auch erst vor ein, zwei Jahren gestanden. Da waren wir beim Hochzeitstag meiner Eltern, die mir dann gesagt haben, meine Mutter hat mir gesagt, in jungen Jahren, wo ich dann angefangen habe, mich zu radikalisieren, wo ich 15, 16 Jahre alt war, dass sie bis ich Mitte 20 war oder so nachts kaum schlafen konnte, weil sie nicht wusste, ob ich gut nach Hause gekommen bin, wie es mir geht, ob ich wieder niedergestochen worden bin, ob ich vielleicht Scheiße baue, ob ich jemanden niederschieße, niedersteche, ob ich Anschläge begehe oder sonst was. Und da fragt man sich natürlich so, aus meiner Haltung heraus, ich bin im Recht, habe ich so viel Leuten so viel Leid gebracht. Besonders meiner Mutter gegenüber tut das sehr leid. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele familiäre Geheimnisse so sagen darf. Jetzt ist es eh zu spät. Ich könnte jetzt auch abbrechen, aber mache ich jetzt nicht. Ja, also meine Schwester ist dicker mit meinem Vater und ich bin mit meiner Mutter ein bisschen dicker. Und das ist halt so, weil mein Vater und ich sind so, ja, wenn wir aufeinander kommen, da, 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 das ist so ein typischer Vater-Sohn-Konflikt. Ja, ich hatte immer das Gefühl, egal was ich mache, es ist nicht gut genug. Ja, ich bin nicht in die Fußstapfen getreten. Ich bin nicht technikaffin. Ich habe keinen Bock auf Technik. Ich habe keine Ahnung, wie ein Motor funktioniert. Mein Vater ist Diplom-Ingenieur. Ja, mein Vater super an Mathe und Physik. Ich in beiden Fächern eine Fünf. Ja, ich habe andere. Ja, und nie war was zu genügend. Ich fühlte mich ungeliebt. Soll jetzt auch nicht so ein Jammer-Video lernen. Aber es ist halt wichtig, das so ein bisschen zu verstehen. Nachher auch, wenn wir den Bogen immer wieder zur Familie spannen. Ich hoffe, ihr macht hier Hashtag, Hashtag Familie drunter. Oder es ist einfach wichtig, auch mal diesen, zu dieser Zeit, die Familie zu beleuchten. Meine Familie wusste auch schon in ganz jungen Jahren, auch schon, also wo ich dann immer auf Konfrontation gegangen bin. Ich war echt Norddeutschlands bester Türknaller. Ich habe zu Hause rumgeschrien und so weiter. Ich habe immer meine Eltern verantwortlich gemacht für alles, was mir passiert ist. Wenn ich vor Gericht war und so weiter und ich kam nach Hause und irgendwas Polizei und Hausdurchsuchung sagte, ihr habt das alles, ihr habt den Weg bereitet. Immer wieder in diese Opferrolle gehen, was ja Extremisten auch alle eint. Wir sind alle immer in der Opferrolle, alle Extremisten. Ich wehre mich ja nur, weil alles so böse ist. Und die Familie war klar, mich und mein Vater darf man nicht zu lange in einen Raum zusammenpacken, weil dann knallt es. Und das war halt auch immer so. Ich muss dazu sagen, ich bin ohne Gewalt aufgewachsen zu Hause, also ohne körperliche Gewalt, aber schon gab es in der Erziehung fragwürdige Methoden, also Strafe durch Nichtachtung. Das heißt, wenn ich irgendwie nicht so funktioniert habe, wie mein Vater sich das vorgestellt hat, wurde ich bestraft durch Nichtachtung, und dass ich dann sozusagen Liebesentzug bekommen habe und so. Ja, jetzt schreiben wieder ganz harte Typen, schreiben wieder unter das Video, ja, geh holen, geh in den Rock, zipfel deiner Mutter und so weiter. Ja, sehr gerne. Familie ist mir super wichtig und deswegen ist es wichtig zu erzählen. Vielleicht kann der ein oder andere einen Mehrwert dazu kriegen, wie Familie auch wieder zueinander findet. Jetzt ist es, jetzt ist es halt so, während des Rechtsextremismus, ich schweife dann so ein bisschen ab, aber vielleicht wird das Video ja ein bisschen länger, gab es halt immer wieder Zeitungsartikel, Hausdurchsuchungen, in den Medien waren Berichte. Ich habe Klamotten natürlich getragen, diese schwarzen Cargo-Hosen mit Springerstiefeln oder dann immer bedruckte T-Shirts mit dummen Sprüchen drauf, sehr klugscheißerisch unterwegs, was politisch angeht. Ja, Vorwürfe an BRD-Scharfe, immer wieder zu sagen, dass ihr System, dass sie haben, dass das aus meiner Sicht abgeschafft wird. Also mit einer sehr, sehr großen Arroganz schon dann immer rangegangen an die, immer konfrontativ, ja, und dann immer auch kein Kompromiss, kein Konsens suchen, nicht auch einfach eine schöne Zeit haben wollen, sondern immer wieder auch, ich glaube, meine Schwester hatte das dann auch gesagt, immer wieder so vom Gefühl her, ich komme hier schon rein, so als Pulverfass, ja, und, Gott, wie kann man sich selber als Fass bezeichnen, na gut, und ich komme hier so rein und man wartet nur und ich habe nur darauf gewartet, dass irgendjemand so mit dem Feuerzeug irgendwie zünder gibt. Egal, was gesagt worden ist, ich wollte schon die Konfrontation, ich wollte den Streit, ja, ich bin hier nicht hergekommen, weil ich sage, ich wollte eine gute Zeit, ich bin dann ja hierher gekommen nach Lübeck und Ostern, Weihnachten, mal zu den Geburtstagen, aber da auch noch sehr kurz angebunden, weil ich musste, ich hatte ja Termine, am Wochenende saß die Familie auch zusammen und dann habe ich die Familie schon gezwungen, dass wir uns 16, 17 Uhr treffen, weil 19 Uhr wollte ich zurück nach Wismar fahren und mit 20 Uhr mit irgendwelchen, mit irgendwelchen drei Kameraden irgendwo was zu saufen, ja, wo der Ablauf ist, wie jedes Wochenende und habe mich da sozusagen aus dem Familienleben fast zehn Jahre rausgenommen. Trotzdem konnte ich immer wieder zur Familie gehen und um Hilfe bitten, wenn irgendwas war, also auch meine Eltern haben für eine der ersten Immobilien, die ich mir zugelegt habe, sogar gebürgt, ja, das muss man auch erst mal machen für den selbstständigen Sohn, der irgendwie im Rechtsrock aktiv ist, auch da gebürgt, ja, für einen Kredit, für einen Hauskredit, da fiel es ihnen, glaube ich, schwer auch Nein zu sagen aufgrund der Konfrontation, weil ich dann immer gesagt habe, ich habe immer Vorwürfe gemacht, ja, für meine Schwester macht ihr alles und so war es ja nicht mal, ja, für sie würdet ihr das machen, nur für mich nicht, ja, immer mit Vorwürfen, mit Angriffen gearbeitet und da waren dann so Familienfeste, ich erinnere mich einfach, ja, wir kamen zusammen, es war groß geplant, mittlerweile war mein Schwager auch in der Familie mit dabei, ich hatte ja auch immer wieder Partnerinnen mit, die sich auch, die sich auch sehr gut mit meinen Eltern verstanden haben, aber ich bin schon mit einer Grundspannung los und wir saßen dann am Tisch und alles vorbereitet, es ist ein Osterfrühstück, ja, alle haben gute Laune, gute Stimmung und es reicht ein Wort, ein Wort meines Vaters hat gereicht, wenn ich das Gefühl hatte, ich werde in irgendwas herabgewürdigt, ja, und nicht geschätzt, dann bin ich absolut explodiert, das hätte nur sein können, so in dem Sinne, was weiß ich und ich sage so, wenn ich jetzt so erzähle, dann nur so mal als Beispiel, ich hätte zu Hause erzählt, ja, scheiße, mein Fahrrad, dann bist du mal alles kaputt und dann hätte mein Vater so gesagt, naja, gut, das kannst du ja nun mal nicht reparieren, das hast du ja nun mal selber dir eingebrockt, ja, dann wäre ich halt völlig abgedreht und hätte gesagt, was die Scheiße denn soll und dann hätte ich meine Mutter, meine Mutter hätte gesagt, dann bleib ruhig und ich da so, ja, dann hätte ich meiner Mutter einen Vorwurf gemacht, wieso mischst du dich da, also nicht, wieso mischst du dich da eigentlich, ja, warum hältst du mal zum Papa, ja, vielleicht kannst du ihm ja auch mal sagen, er soll die blöden Kommentare lassen und so und so und dann wurde es so hochgeschaut, bis meine Schwester geweint hat, meine Mama geweint hat, ich mich gar nicht mehr eingekriegt habe, ja, keiner wollte mehr was essen, es war eine riesen Tafelvorbereitung mit allen möglichen Kramen, keiner wollte mehr was essen, bis ich die, alle Türen geschmissen habe, Haustür zugeschmissen habe, mega beleidigt habe und das so zu erzählen, fällt mir natürlich auch nicht leicht, ja, wenn die Leute dann das Video gucken und sagen, oh Gott, oh Gott, aber es gehört halt zu der Geschichte mit dazu, um am Einblick zu kriegen, was da familiär los war und jetzt war es so, so war das im Rechtsextremismus und wo ich denen dann den Rücken ja gekehrt habe, wir erleben ja jetzt gerade den Übergang, also Kameradschaft Werwolf, kurze Übergangsphase, Multikriminalität und jetzt, wenn bald die Rocker-Serie startet, ist ja, ist hier sozusagen eine Entwicklung von vielleicht sechs, neun Monaten, wo ich in dieser Veränderung bin vom Sprung Rechtsextremismus ins Rocker-Milieu und ich habe mich angefangen anders zu kleiden, ja, ich habe auf einmal Marken für mich entdeckt, ja, auch mal eine teure Uhr gekauft, ähm, habe dann angefangen wieder so, ähm, habe die Cargo-Hosen ausgezogen, bin dann umgestiegen, ich weiß nicht, ob das unbedingt besser ist, ja, da war so eine Phase, ja, da hat man so True Religion Hosen getragen, wow, wenn ich das nur schon, wenn ich da nur schon drüber nachdenke, ja, also Hauptsache teuer, ja, ich habe dann angefangen, so die Squared-Schuhe zu tragen, ja, da mal 400 Euro für Schuhe, da 500 Euro für eine Hose, ja, gehörte ja zum äußerlichen Bild, habe dann wieder Marken getragen, was dann, was dann so ein bisschen schicker wurde, also sieht für mich heute auch noch aus wie Assi-Schick, aber kann auch dran liegen, dass ich da drin stecke, aber, ähm, war da natürlich sozusagen die optische Veränderung, ähm, die, äh, es gab dann auch einen Wandel der Frauen sozusagen an meiner Seite, die dann auch, ähm, schon sehr, sehr hübsche Frauen, sehr, sehr hübsche Frauen waren, trotzdem immer sehr liebe Frauen, ich will da gar nicht so nachtreten, das waren sehr, sehr liebe Frauen, die leider an mich geraten sind, oder an so einen alten Philipp, der dann natürlich da, ähm, ein extremes Bastardverhalten an den Tag gelegt hat, und, ähm, ja, dann gab es, dann, wurde das alles so ein bisschen schicker, ja, dann gab es, gab es den Aufstieg bei den Autos, und, ich habe nicht mehr so politisch geschnackt, und so weiter, das war mir jetzt scheißegal, jetzt war ich auf einmal Vermieter für Modellwohnungen, was für meine Eltern so, du hast erst mal, wie ich das so erzählt habe, und so, meine Mutter dann so, hä, was, was sind denn, wieso, was hast du denn mit Models zu tun, ja, die hat irgendwie so an Claudia Schiffer und Heidi Klum gedacht, oder so, ähm, da habe ich das so ein bisschen erklärt, ich sage, ja, wir machen da ja nur Vermietungen, machen da Schutz, die Frauen mit denen haben wir gar nichts zu tun, das ist, das ist ein ganz anerkanntes Geschäft in Deutschland, da gehen ja, was weiß ich, äh, so und so viele Millionen Männer hin, und so, natürlich wird das jetzt nicht so mit Applaus aufgenommen, aber gefühlt auf jeden Fall, ähm, zumindest so eine Art Aufstieg aus dem Rechtsextremismus, wo ich dann gesagt habe, der kann mich mal am Arsch lecken, so, ja, habe ich keinen Bock mehr drauf, und, ähm, also ich war jetzt ja nicht völlig politisch, äh, deradikalisiert oder so, aber ich wollte, ich wollte zumindest weg davon und jetzt nur noch, nur noch auf, äh, auf Verbrechen gehen, und, ähm, ich muss dazu sagen, während des Rechtsextremismus, meine Mutter, ähm, die war in unterschiedlichen Clubs aktiv, die hat dann auch irgendwann angefangen, so ein bisschen Golf zu spielen, in so einem kleinen, äh, Dorfclub, und da wurde die gemobbt, einfach weil sie meine Mutter ist, und, ähm, das so im Nachhinein zu hören, war natürlich nicht so einfach, ja, wenn ein Zeitungsartikel über mich war, Neonazi in Wismar, oder Mecklenburg-Vorpommern, Philipp Schlaffer, und irgendjemand spricht sie im Club an und sagt, das ist dein Sohn, und so weiter, das ist ja fürchterlich, und, boah, ist das wie schlimm, und, ähm, ja, was die dadurch leiden musste, das ist mit Sicherheit nicht einfach, und, ähm, kann ich jetzt im Nachhinein leider jetzt nicht mehr verändern, ähm, ähm, aber tut mir ja auf jeden Fall leid, dass, das, was man da durchmachen musste, es gab auch eine kurze Phase, wo mein Vater mal gesagt hat, okay, wenn der Junge das so will, und er will eine andere Familie, und, 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 und er will uns nicht mehr, dann müssen wir den Jungen halt auch fallen lassen, wenn es Probleme gibt, da muss ich dann sagen, da war meiner Mutter, ähm, das Herz einer Löwin, die dann gesagt hat, also, ähm, alles wird passieren, aber ich werde auf jeden Fall nicht meinen Jungen fallen lassen, und, ähm, da bin ich meiner Mutter sehr, sehr dankbar, und auch natürlich meinem Vater, der das, äh, unter Federführung meiner Mutter, dann auch durchgezogen hat, äh, gezogen hat, ich bin denen sowieso generell sehr dankbar, ich hoffe, ähm, dieses Video, ähm, fällt nicht zu doll aus der Reihe, aber es ist mir wichtig, das loszuwerden. Jetzt war es aber dieser Wandel da, und ich schlage dann ja auf, hier irgendwie bei so einem, ähm, bei so einem Familienfest, meine Schwester stellt mir auch ihren zukünftigen Mann vor, ähm, ähm, mein, mein lieber Schwager heute, mit dem, mit dem ich sehr, ähm, sehr gut befreundet bin, wo ich dann auch schon so eine Abwertung so hab, so, weißt du, er entsprach nicht so meinem Männlichkeitsbild, nicht meinem, nicht meinem Bild eines Mannes, auch aus dem Management, auch eher, eher etwas, äh, ja, wie soll ich das jetzt sagen, nicht, dass er, die gucken ja, YouTube ist ja für jeden konsumierbar, also, wirklich schon sehr steif und sehr spießig im Vergleich zu mir, ja, auch da, da musste man sich nicht viel Mühe geben, aber natürlich auch mit so einer Arroganzhaltung ran, ja, passt zu Katrin, und, äh, jetzt hätte ich mein Schwesteresnamen doch gesagt, ist auch egal, und, ähm, ja, war schon immer schwierige Familienverhältnisse, ja, immer besonders, wenn ich da war, weil keiner Bock drauf hatte, dass alles im Ausflug, alle wollten auch einen schönen Abend haben, aber mein Vater hat jetzt zu diesem Zeitpunkt einen Schritt in meine Richtung gemacht, womit ich so gar nicht gerechnet hatte, mit dem Rechtsextremismus-Kram konnte er dann so gar nichts anfangen, aber jetzt auf einmal hat er gesehen, okay, der Junge wird jetzt wirtschaftlich erfolgreich, was, was für ihn eine große Leistung, Leistung darstellt, weil er sich aus seiner Armut als, ähm, ähm, als Kriegskind, äh, sich durch Leistung auch rausgearbeitet hat, ja, also finanzielle Sicherheit, äh, heißt für ihn dann auch Erfolg, und er ist als Kriegskind im Kohlenkeller groß geworden, äh, viele, viele Jahre im Kohlenkeller gelebt, Hauptschule, Realschule, Abitur gemacht, dann studieren gegangen, alles aus eigener Kraft geschaffen, und jetzt, jetzt habe ich dann auch erzählt, ja, ich habe jetzt hier, und ich will jetzt noch demnächst Wohnungen kaufen, und, ähm, wir machen da jetzt Geschäfte, und ich bin da, bin da so ein bisschen dran, ich habe, Tattoo-Laden läuft, jetzt haben wir Modellwohnungen aufgemacht, ich strecke die Fühler gerade noch so ein bisschen raus, in so eine Security-Firma, wo ich so meine Finger mit drin habe, und, äh, fährst dann sofort, zeigst dann halt auch, hey, machst so ein bisschen Bling-Bling bei der Familie, Auto, neue Klamotten, ja, zeigst die Pähle, so, ne, und, und, und da hat mein Vater dann irgendwann mal so zu mir gesagt, und das war, ähm, das ist komischerweise, aus der Zeit ist das fast das Einzige, was hängen geblieben ist, ähm, dass er dann zu mir gesagt hat, naja, ähm, bist ja schon deinen Weg gegangen, also da bin ich schon stolz auf dich, was du da aus dir gemacht hast, und das mit, also, da ging es einfach nur um den finanziellen Erfolg, und das, obwohl sie wussten, dass es, ähm, mit Verbrechen passiert teilweise, dass ich halt ein Krimineller bin, gab es da trotzdem Lob für, dass ich den Weg gegangen bin, ja, du hast dich halt für deinen, für deinen Lebensweg so entschieden, aber jetzt hast du ja die Kurve bekommen, weg vom Rechtsextremismus, wenn du damit jetzt dein Geld verdienst, dann ist das so. Oh, ich fühlte mich, ich fühlte mich wie, ich fühlte mich wie mit warmen Öl eingerieben, als wenn das eine Massage, und das vor meinem Vater zu hören, war vielleicht der größte Moment, den mein Vater mir damals, so zu dem Zeitpunkt gegeben hat, heute gibt es neue Momente, ähm, und, ähm, dann war das, dann war das natürlich immer wieder Thema Geld, aber dass eine neue Veränderung anstehen sollte, besonders ins kriminelle Rockermilieu, und was das machen sollte, und wie das weitergeht, ja, wie die Familie das aufgenommen hat, und das erzähle ich euch im nächsten Teil, ja, also, wie gesagt, Leute, danke an die Kanalmitglieder, an die Paten, da kriegte die Bilder von meinen Eltern, Familie und so weiter rein, könnt ihr mal ein bisschen gucken, wie das so immer aussah, und, äh, ich dachte, das Video ist aus, und, äh, das Buch ist draußen, Hass macht Gewalt, King unter den Kongs, Pullover, T-Shirts, was weiß ich, gibt's da alles, könnt ihr auch mal ausschenken, der Verein ist hier hinter, das Extremistlose e.V., da könnt ihr Mitglied werden, könnt unsere Arbeit unterstützen, bei der Deradikalisierung, und, äh, an die Gewaltarbeit, und ich verbleibe wie immer mit einem, Ahoi von der Küste, wow, fast 30 Minuten auf dem Punkt.